Unfreiwillig Willig Staffel 2 Geschrieben von AoChan21 Gelesen von Carina Fue Teil 1 Draco erhob sie vom Frühstückstisch und legte seine Servierte, welche er auf seinem Schoß gelegen hatte, neben seinen Teller. Harry hob den Blick von dem Klitterer, den er wirklich bestellt hatte. Draco hatte auf der Titelseite eine seltsame Mischung aus Mensch und Affe gesehen und sich danach geweigert, seinen Klitterer auch nur anzufassen. Zudem hatte Harry ihm mitgeteilt, dass er den Propheten keine weitere Interviewtermine mehr gab. Das hatte bei Draco nur ein Schnauben ausgelöst. Noch nie hatte Harry irgendjemandem ein Interview gegeben. Unter jedem Artikel über den Jungen, der lebte, stand, dass Harry sich zu nichts davon äußern wollte. Morgen selbe Zeit? Fragte er ruhig und Draco nickte ihm zu. Es war Dienstag und nachdem er sich gestern seinen freien Tag gegönnt hatte, an welchen er sich vor der Rest der Welt verschanzt hatte, musste er sich nun wieder dem allen stellen. Zu Hause hatte er sich in seiner Bibliothek verkrochen, so wie schon den ganzen Sonntag. Er hatte eigentlich nichts weiter gemacht, als in die Flammen seines Kamins zu starren. Etwas, das er sonst nie tat. Sonst hatte er immer ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien und starrte durch die Seiten. So erweckte er wenigstens den Anschein, als würde er lesen. Harry hatte einen ganz beschissenen Einfluss auf ihn. Dämlich durch die Gegend starren, war die Eigenart des Gryffindors. Draco schlug in der kleinen Gasse hinter der alten Apotheke auf, hob die Hand, um sich durch sein Haar zu streichen. Allerdings stoppte er sich selber und ließ die Hand wieder sinken, um diese unbeherrschte Geste nicht auszuführen. Tief atmete er durch und schloss die Hintertür mit einem Schwenk seines Zauberstabes auf und trat ein. Der vertraute Geruch von Kräutern und verschiedenen schon gebrauten Tränken umhüllte ihn sofort. Er hoffte, dass es ihn ein wenig beruhigte, aber es gelang ihm nur mäßig. Seinen Umhang hängte er an den dafür vorgesehenen Haken auf und danach trat er in den Raum, in welchem drei Arbeitstische standen. Muffloi! Draco spürte, wie er die Schultern anspannte. Mr. Underwood war der Erste, welchem er wieder unter die Augen treten musste, seitdem das mit dem Gendefekt an die Öffentlichkeit getreten war. Gut, der alte Mann wusste wahrscheinlich mehr, als er zugab. Immerhin hatte er das Armband gesehen und deutlich gemacht, dass es ihn persönlich nicht stören würde. Mit einem gezwungenen Lächeln wandte er sich zu seinem Arbeitgeber um. Trotz der Einsicht, welche er sich von seinem Chef erhoffte, war er dennoch nervös. Er wollte keine Fragen beantworten. Und doch würden sie kommen. So wie er selbst damals als Kleinkind Snape über Hogwarts ausgefragt hatte. Was man nicht kannte, war interessant. Und dann wurden Fragen dazu gestellt. Und meist überschritt der Fragende dann einen Punkt, an welchem es unangenehm für beide wurde. So wie Draco damals Snape gefragt hatte, warum er Lehrer war, wenn er doch jedes Mal über die Schüler schimpfte, welche er unterrichtete. Snape hatte ihn seltsam angeschaut, seinen Tee ausgetrunken und hatte ihn dann spielen geschickt. Guten Morgen, Sir. Ich hoffe, Sie entschuldigen mein Fehlen. Es wird nicht wieder vorkommen. Mr. Underwood schlurfte durch den Raum auf Draco zu und tätschelte nur seinen Arm, sobald er vor ihm stehen geblieben war. Die braunen Augen blickten ihn mitfühlend, aber auch offen und freundlich an. Er musste den Kopf in den Nacken legen, um Draco ins Gesicht sehen zu können. Aber nein, Junge, du bist so fleißig, dass ich nicht wüsste, was ich ohne dich machen sollte. Er ließ seine Hand kurz liegen, tätschelte nochmal Dracos Arm, ohne weitere Fragen zu stellen, und fand er sich dann wieder ab, um zurück in den Verkaufsraum zu humpeln. Draco war dem Mann so dankbar, dass er spürte, wie sich in ihm etwas heftig zusammenzog. Es hätte auch gut sein können, dass er ihn einfach rausschmiss. Selbst moderne Zauberer sahen in einem Halbblut etwas, das sie nicht in ihrer Nähe haben wollten. Hauselfen waren nützlich, aber da hörte es dann eben auch schon auf. Sie waren hässlich und man sah sie nicht gerne. Sie agierten im Hintergrund. Wehrwölfe waren brandgefährlich, wie Draco nur zu gut an den Wehrwolfen gesehen hatte, welche unter dem dunklen Nord gedient hatten. Und Vilas waren einfach nur Vilas. An jemanden gebunden, welcher von einem Tag auf den anderen entscheiden konnte, dass die Vila den Beruf aufgeben oder eben geheime Informationen beziehen sollte. Da musste Mr. Underwood allerdings keine Sorgen haben. Das einzig wirklich Interessante, was Draco mal zwischen die Finger gekommen war, war eine ganze Ladung von Schrumpeltränken für einen kleinen hässlichen Mann, welchen Draco sehr gut aus der Regenbogenpresse kannte. Der kleine, wirklich nicht schöne Zauberer hatte sich eine bekannte japanische Sängerin geangelt. Draco hatte sich während des Brauens gefragt, für was der Kerl die Tränke bräuchte, ehe ihm aufging, dass man durch Zugabe von Bergtollwimpern, Hasenzehen und Klee auch zu einem späteren Zeitpunkt einen Liebestrank mixen konnte, welcher seinesgleichen suchte. Draco zog sich seine Spinnwebenhandschuhe über, griff sich das erste Rezept und begann den Trank, einen einfachen Antikatertrank zu brauen. Er war gerade dabei, Brennnessel mit einem goldenen Messer kleinzuschneiden, als er seine beiden Kollegen hörte. Sie kamen zusammen durch die Hintertür, lachten laut auf, aber als sie Draco sahen, blieb es ihnen im Hals stecken. Draco biss die Zähne zusammen, um sich nicht zu ihnen umzudrehen. Er hatte die Tür im Rücken und inzwischen war er sehr vorsichtig damit geworden, wer hinter ihm stand. Als ehemaliger Todesser lernte man so etwas sehr schnell. Der Drang nach seinem Stab zu greifen, um wenigstens die Möglichkeit zu haben, sich zu verteidigen, wurde fast übermenschlich. Aber er schnitt nur mechanisch die Pflanze kleiner. Er musste dringend an seiner Vila-Magie arbeiten. Vielleicht würde er es dann schaffen, aus dem Nichts ein Protego heraufzubeschwören. Dann war dieser Defekt wenigstens zu irgendetwas nützlich. Aber seit er Harry geheilt hatte, ging er damit sehr sparsam um. Zu oft erinnerte er sich an die Schmach, von Harry gestützt werden zu müssen und seine warmen Hände an seiner Seite zu haben. Seine Kollegen traten an ihre Tische und zauberten sich ihre Zutaten darauf, nachdem sich jeder ein Rezept genommen hatte. Sie schwiegen, was bei den beiden ungewöhnlich war. Normalerweise standen ihre Münder kaum still und sie versuchten sich gegenseitig mit lächerlich ausgeschmückten Erzählungen zu übertrumpfen. Obwohl sich Draco sicher war, dass die Hälfte davon erlogen war, erstaunte es ihn doch immer wieder aufs Neue, wie sie die gleichen alten Geschichten aufwärmen konnten und sie so erzählten, dass sie am Ende nicht nur den verloren geglaubten Ohrring, der Oma unter dem Sofa, fanden, sondern eine Nixe, welche sich darunter verirrt hatte. Manchmal überlegte Draco sich, ob er nicht einen Zauber auf seine Ohren legen sollte, um diesen Blödsinn nicht mehr anhören zu müssen. Er hatte den Eindruck, dass seine Intelligenz mit jedem Wort der beiden drastisch sank, aber leider ging das nicht. Er musste jederzeit hören können, ob ein Kessel sich entschied zu explodieren. Seit die Nulpe Longbottom regelmäßig die falschen Zutaten in sein Kessel geworfen hatte und dieser einmal nur knapp an Draco vorbeigesaust war, hatte er nicht nur seinen, sondern jedes Gebräu im Raum im Auge behalten, zumindest sofern er es von seinem Platz aus konnte. Draco musste heftig schlucken, aber sein Mund war ausgetrocknet. Langsam ließ er das Messer sinken, nahm seinen Stab auf und zauberte sich ein Glas Wasser in die Luft, welches er ergriff und rasch austrank, ehe er selbiges mit einem Zauber wieder verschwinden ließ. Aus den Augenwinkeln sah er, wie die beiden Männer sich ansahen, aber sie schwiegen weiterhin und Draco widmete sich wieder dem Trank, zerdrückte eine Traube und zermalte Drachenclown zu feinem Staub. Er hatte darauf gehofft, dass sie daran dachten, dass er auch noch ein Todesser war, aber er hatte einfach kein Glück. Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe? Fing sein schwarzhaariger Mitarbeiter an, welcher direkt neben Draco arbeitete. Draco nahm aus den Augenwinkeln wahr, dass er zwar mit seinem Freund sprach, aber dabei Draco anstarrte. Draco packte den Stößel fester, fügte kleine Käfer in die Schale und beträufelte sie mit dem gewonnenen Traubensaft. Ich habe mich schon immer gefragt, ob die Vidas wirklich jeden Befehl ihres Herrn befolgen müssen. Draco biss sich auf die Zunge, als der andere sofort darauf einstieg. Ihm war in den letzten Jahren so viel Schlimmes passiert. Der dunkle Lord, das Mal und der Fall des dunklen Lords. Er hatte gehofft, dass nun wenigstens seine Zukunft besser werden würde. Aber dann war Harry aufgetaucht. Der Typ, von welchem er jeden Befehl akzeptieren und ausführen musste. Oh ja, wusstest du das nicht? Jeder noch so kleine Befehl muss befolgen, das ist ja richtig grausam. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein stolzer Reinblüter. Nein, warte. Er machte eine gekünstelte Pause. Die kleine Vila ist dann ja gar nicht mehr reinblütig. Sie ist ja nur noch ein dreckiges, kleines Halbblut. Sie hielten beide den Atem an und bearbeiteten auch nicht mehr ihre Bestellungen, sondern starrten Draco fast schon dreist an. Sie versuchten ihn zu reizen, zu sticheln, so wie sie es an jedem anderen Tag auch machten, indem sie Beleidigungen über Reinblüter, den Krieg, den Helden und Sonstiges in ihren hirnlosen Gesprächen breittraten. Er war noch nie darauf eingegangen. Draco versuchte sich selber krampfhaft zu beruhigen und löste die Zähne aus seiner Zunge, da sie langsam wirklich wehtat. Er versuchte an etwas Unverfängliches zu denken und ihm fiel der Zauberer ein, welcher von einem hüpfenden Topf verfolgt wurde. Kurz stockten seine Bewegungen. An dieses Märchen hatte er schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gedacht, aber es beruhigte ihn. Er versuchte sich einen Wortlaut aus dem Buch zu erinnern, aus welchem ihm seine Mutter vorgelesen hatte, wenn er krank gewesen war. Weißt du, was mich interessieren würde? Wer der Herr von bestimmten Wählers ist? Glaubst du, das kann man rausbekommen? Mit einem Zauber? Oder noch besser, vielleicht mit einem Trank? Pause. Malfoy? Kann man das rausbekommen? Draco schloss kurz gequält die Augen. Manchmal fragte er sich, ob es jemanden gab, der es auf ihn abgesehen hatte und ihm wirklich nichts, aber auch gar nichts ersparte. Keine Ahnung. Er richtete sich auf und wandte sich zu den beiden um. Das war das erste Mal, dass sie ihn ansprachen. Sie hatten sich zur Begrüßung die Hände geschüttelt und sie hatten ihre Namen genannt, die Draco aber sofort vergessen hatte. Die unwichtigsten Namen strich sein Kopf einfach wieder. Äußerst praktisch. So selektierte sein Gehirn automatisch und Draco wusste, in welche Kategorie er den anderen einordnen musste. Er nannte sie gedanklich gerne Pickelfresse und Hufflepuff verschnitt. Sag du mir lieber, wie das Chaos aus Altern in deinem Gesicht passiert ist. Ich kannte da mal eine Hexe, die es geschafft hat, jemanden den Schriftzug Petze aus Pickeln auf die Stirn zu fluchen. Ist dir das auch passiert, als du deinem kleinen Schwarm Karol zu nahe gekommen bist? War das nicht die Kleine aus dem Buchladen, die dich hat abblitzen lassen? Sie stand wohl nicht sonderlich auf dein Stalking. Draco wandte sich zu dem anderen um, dem kleinen Hufflepuff. Er wusste, dass er jetzt sehr vorsichtig sein musste. Sie würden seine Grenzen austesten, sehen, bis wohin sie sich trauen konnten, wie weit sie Dracos Schwäche ausnutzen konnten. Denn das war es ja, eine Schwäche. Aus Hufflepuff zu kommen ist keine Glanzleistung. Die nehmen alle auf. Slytherin aber, dafür bist du zu. Draco deutete auf ihn, als ob das als Erklärung ausreichen würde. Gryffindor, dafür braucht man Mut. Und das letzte Mal, als du Eier hattest, war, als du der Transe unter den Rock gegriffen hast. Selbst Ravenclaw ist zu gut für dich. Hufflepuff fängt alle Loser auf. Also hör auf, ständig zu wiederholen, wie toll dein Haus war. Die beiden tauschten einen Blick und griffen dann synchron nach ihren Stäben. Aus ihrem überlegenen und höhnischen Grinsen wurde nur ein verkniffener und wütender Ausdruck. Was hatten sie erwartet, dass Draco das nicht alles mitbekam, was sie besprachen? Wie gesagt, Hufflepuff und Pickelfresse. Durch Dracos erhobene Hand und minimal gekrümmten Finger begannen die Vorratsgläser in den Schränken zu wackeln und leise zu klirren. Lasst es, sagte Draco mit fester Stimme. Es wurde merklich kälter und dunkler im Raum. Ihr habt die Zeitung gelesen, herzlichen Glückwunsch. Nur, dass die Schreiberlinge etwas Entscheidendes vergessen haben. Das Klirren wurde lauter und die beiden zogen erschrocken die Köpfe ein. Verlierer. Draco musste sich zurückhalten, um nicht erleichtert aufzuatmen. Noch hatte er nicht gewonnen. Ihm lief eine Schweißperle über den Nacken und wurde von seinem Hemdkragen aufgefangen. Wir sind sehr gut darin, jemanden zu töten und verschwinden zu lassen, sodass er niemals wieder gefunden wird. Erst als er die Hand wieder sinken ließ, wurde es sofort wieder still und die Sonne strahlte in den dreieckigen Raum. Pickelfresse und Tafelpaarverschnitt wechselten einen kurzen Blick, dann starrten sie Draco wieder an. Kurz genoss er die Angst und das Unbehagen in ihren Gesichtern. Sie schoben ihre Hände wieder zu ihren Stäben und Draco biss die Zähne zusammen, als sie ihren Finger um die Griffe erschlossen. Sie tauschten noch einmal einen Blick, dann sagte Pickelfresse, »Reg dich ab, Malfoy! Es war doch nur eine Frage!« Draco grinste sie nur kalt an. »Und das war nur eine Information, die ich euch brennt mitteilen wollte.« Er verschränkte die Arme vor der Brust, um zu verbergen, wie heftig seine Hände zitterten. Der Zauber mit den Gläsern war anstrengender gewesen, als er vermutet hatte und ihm rann der Schweiß über den Rücken. Nicht nur wegen dem anspruchsvollen Zauber, sondern auch wegen der angespannten Situation. Sie wandten sich wieder von ihm ab und begannen nun wieder ihre Tränke zu brauen, während Draco sich auf seinem Hocker niederließ. Nach einer Stunde fingen Pickelfresse und der Verschnitt wieder an, über unverfängliche Dinge zu reden, wie über die weiße Schneeeule, welche sich der Hufflepuff zulegen wollte. »Harry Potter ist einfach der Größte!« seufzte er, als ob das den Kauf der Eule legitimieren würde. Schneeeulen hatten durch Harry einen Boom erfahren, von welchem der Held wahrscheinlich nichts wusste. »Habe ich dir schon erzählt, dass ich Potter gesehen habe? Ich war einkaufen und da habe ich ihn in der Buchhandlung getroffen.« Getroffen? Wohl eher dumm angegafft. Einkaufen? Wohl eher der Frau hinterherhächeln, die sich eher ihren Zauberstab ins Auge rammen würde, als mit Pickelfresse auszugehen. Er hat einige Bücher besorgt. Ich habe mich hinter ihn gestellt und ich kann dir was sagen. Er hat die Name wirklich auf der Stirn genau da. Er tippte sich begeistert gegen die Stirn und Draco verdrückte sich ein Schnauben. Und die grünen Augen. Ich habe noch nie so grüne Augen gesehen. Pickelfresse seufzte und Draco überlegte sich, ob er wirklich schwul war, wie ihm das Gen vorgaukelte zu sein. Gut, Harry hatte ihn gefögelt, zweimal. Aber wenn er das Gesülze von da drüben hörte, war er sich seiner Männlichkeit ziemlich sicher. »Und dann?« fragte der Verschnitt weiter. »Oh, er hat bezahlt und dann hat er mich angerempelt. Und er hatte sogar noch seine Aurorenkleidung an. Er hat sich entschuldigt und mich dann angelächelt.« Draco wollte in diesem Moment am liebsten den Kopf gegen die Stirn. Teil 2 Es war kurz vor 17 Uhr und Pickelfresse sowie der Verschnitt waren dabei, ihre Arbeitstische freizuräumen. Draco rührte seinen Trank noch einmal um und schöpfte ihn dann in eine große, braune, bauchige Flasche ab. Das war der letzte für heute und er freute sich schon auf ein gutes Essen und dann einen teuren Wein. »Maffloi!« Mr. Underwood kam so schnell ihn seine alten Beine trugen zu Dracos Arbeitsplatz. Seine Haare standen ihm wie ab, als ob er mehrmals mit den Händen durchgefahren wäre. Seine Wangen waren unnatürlich gerötet und er hielt einen kleinen Zettel zwischen den Fingern. »Maffloi! Kannst du ein wenig länger bleiben? Ich habe hier einen Kunden, der muss einen Trank gegen Drachenpocken bekommen.« Draco nickte und seine Kollegen grinsten sich breit an. Das bedeutete, dass Draco Überstunden machen musste, während die beiden sich noch auf ein Bier trafen. Der Trank gegen Drachenpocken war einfach nur nervig. Er war nicht sonderlich schwer herzustellen, aber man musste zu bestimmten Zeiten Blut und Haare das Trinken denn hinzufügen. Das wäre ja nicht problematisch, wenn das Blut nicht älter als 23 Sekunden sein durfte. Also kamen viele, die zwei linke Hände zum Brauen hatten, her und der Kunde bekam seinen ganz spezifischen Trank gebraut. »Aber du wirst nie erraten, für wen du es machst!« brabbelte der Alte aufgeregt weiter. Noch bevor Draco auch nur den Kopf für sein Nicken wieder gesenkt hatte. Das Traumpaar hinter ihm stoppte kurz mit ihrer Säuberung und blickten neugierig zu ihm hinüber. Mr. Underwood beugte sich vor, spähte über die Schulter zu der Tür zum Verkaufsraum und murmelte dann. »Harry Potter!« Sofort schaltete sich Pickelfresse ein. Draco überlegte sich gerade, ob er einen auf begeistert machen sollte, aufspringen und vor lauter Übermut die Stirn auf seiner Tischkante aufschlagen sollte. Dann würde er nicht für Harry einen Trank brauen müssen und er hätte eine super Entschuldigung, um Harrys Kleider voll zu bluten. Obwohl er sich bei dem Helden vorstellen konnte, dass er ihn dann zu Hause besuchte oder an seinem Krankenbett saß. Wahrscheinlich würde er noch so etwas Lächerliches wie Pralinen mitbringen. Am besten noch in Herzform. Draco wog ab, ob er sich dafür eine Narbe an der Stirn leisten wollte. Er entschied sich dagegen. Das kann ich auch gerne übernehmen, Sir, stürmte Pickelfresse gleich vor. Mr. Underwood drehte sich zu dem Eiterparadies um. Was? Du, Roman? Er schien sichtlich zu zweifeln und wiederholte wieder. Das ist Harry Potter. Als ob das alles sagen würde, warum er Pickelfresse nicht an den Helden lassen wollte. Inkompetenter Akne-Zauberer. Draco biss sich auf die Wange, um nicht zu grinsen, als er den wütenden Blick von Pickelfresse sah, den er ihm zuwarf. Er murmelte etwas, das sich verdächtig nach Todesser anhörte und Mr. Underwood eilte wieder nach draußen, um Harry in das Zimmer zu geleiten. Es tut mir wirklich leid, dass ich zu spät komme, aber... Aber das macht doch nichts, Mr. Potter. Aber natürlich machte das was. Harry brachte ihn jetzt nicht nur um seinen Schlaf und den heißen Sex mit Frauen, sondern auch noch um seinen verdienten Feierabend. Pickelfresse und Haffelpuff starrten Harry an, als dieser durch die Tür trat. Harry lächelte ihm knapp zu, unsicher zu wem der beiden er sich wenden sollte. Dann blieb sein Blick an Draco hängen, welcher in aller Seelenruhe einen Topf mit Wasser füllte und die Flamme darunter entzündete. Aber wie für Harry üblich, blieb er nicht nur einfach überrascht stehen, sondern machte einen Schritt, als ob er eine unsichtbare Stufe hochsteigen wollte, strauchelte und Draco sah ihm amüsiert dabei zu, wie er sich stolpernd wieder fing. Er schob sich erröten die Brille auf die Nase, als sich Pickelfresse auch schon zwischen ihn und Harry drängte. Es ist mir eine Ehre, Mr. Potter. Er griff sich Harrys Hand und schüttelte sie, was dieser über sich ergehen ließ und sogar kurz den Mann vor sich ansah, ehe er wieder Dracos Blick suchte. Äh, ja, sagte Harry, schüttelte auch dem Hufflepuff die Hand und ließ sich dann von Mr. Underwood auf einen Stuhl befördern, welcher knapp neben Dracos stand. Er blickte kurz zwischen den beiden jungen Männern hin und her und Draco passte es gar nicht, dass unter der tattrigen alten Hülle ein Messer scharfer Verstand arbeitete und sicher mehr sah als gut war. Immerhin war Harry immer noch leicht rot um die Nase und Draco zeigte keine Anzeichen von Freude oder Hass einen alten Schulkameraden oder eben Feind wiederzusehen. Mr. Underwood wandte sich zu Pickelfresse und Hufflepuff. So ihr beiden, Feierabend, lasst Muffloy in Ruhe brauen. Muffloy? fragte Harry amüsiert nach, während Draco ein Stück eines Drachenherzens klein schnitt. Mr. Underwood rumorte im Verkaufsraum und seine beiden, Draco hasste das Wort Kollegen inzwischen, da sie einfach nur dumm und widerlich inkompetent waren. Mit Brauer, waren gegangen, nachdem sie Harry noch ein paar heiße Liebesblicke zugeworfen hatten. Wenn sie wüssten, dass er und Draco sich nicht nur aus der Schule kannten, sondern auch das Bett teilten, würden sie sicher nicht zögern und Draco umbringen. Entschuldigung bitte, dass ich dir den Vortritt beim dunklen Lord gelassen habe und dir gestattet habe, ihn umzubringen, sonst wüsste er sicher meinen Namen und nicht nur deinen, du Held aller schlaflosen Frauen. Er sah Harry aus den Augenwinkeln grinsen, der sich im Raum umsah. Hier arbeitest du also? Die Stückchen des Herzens landeten im Kessel und erst jetzt sah er Harry zum ersten Mal direkt an, seit dieser eingetreten war. Nein, ich mache hier Ferien. Du kennst das doch sicher. Das Klima, die Leute und die Aussicht. Man kann einfach nicht anders als immer wieder herkommen. Seit neuestem ging Harry nicht mehr auf Dracos Stücheleien ein. Auch heute reagierte er nicht, sondern beobachtete Draco, wie er eine Nixenschuppe mit einem silbernen Stößel zerkleinerte. Ich habe nie in die Akte gesehen. Draco stockte kurz. Das hätte er nicht erwartet. Er war sich sicher gewesen, dass das Harrys erster Gang gewesen war. Runter in den Keller und die Nase in seine Akte klemmen. Du bist eine herzensgute Person, sagte er dann und versuchte so viel Ironie und Sarkasmus in den Satz zu verpacken, dass sie Harry anspringen musste. Wieder schwiegen sie einige Augenblicke, dann sagte Harry, ich brauche einen Trank für meinen Job. Wenn wir nach Rumänien gerufen werden, was immer mal wieder passieren kann, dann müssen wir immer gegen alles geimpft sein. Aha, interessierte ihn nicht wirklich. Er kippte die letzten Zutaten in das Gebräu, rührte einmal um und tippte eine magische Uhr an, welche zu ticken begann. Jetzt mussten sie nur noch warten. Mit einem Schwung seines Stabes, welchen er inzwischen mehr mochte als seinen zerbrochenen Zauberstab, da er irgendwie eine stärkere Verbindung zu diesem hatte, säuberte er den Tisch. Niemals würde er das vor Harry zugeben. Sollte er ihn jemals fragen, dann würde er es leugnen. Mit einem weiteren nässigen Schnipsen flogen die nicht verbrauchten Zutaten durch die Luft und ordneten sich in den entsprechenden Schubladen wieder ein. Den Tisch aufzuräumen und zu säubern dauerte aber nicht mal im Ansatz so lange, wie er gehofft hatte, obwohl er sich extra viel Zeit ließ. Dabei spürte er Harrys Blick die ganze Zeit auf sich ruhen und er war sich nicht sicher, ob er das angenehm finden sollte. Das hier war anders als morgens in Harrys Salon. Das hier war Dracos Leben, nicht Harrys. Es fühlte sich irgendwie beklemmend an, als ob Harry langsam einen Platz einnahm, auf welchem er gehörte, Draco ihn dort aber nicht haben wollte. Möglichst locker setzte Draco sich wieder, versuchte sich nichts anmerken zu lassen und als sich ihre Knie berührten, schlug Draco die Beine über. Er zog seine Handschuhe aus und nickte dann zu Harrys Händen. Ich brauche deine rechte Hand. Harry gehorchte sofort und legte sie mit der Handfläche nach oben auf den Tisch. Draco hob seinen Stab und sprach einen Reinigungszauber auf Harrys Hand Innenfläche, dann senkte er den Stab wieder. An Harrys Blick konnte er sehen, wie verdutzt er war und Draco konnte ein Schnauben nicht unterlassen. Schaust du dir deine Fans mal genauer an, denen du die Hand schüttelst? Glaubst du nicht, Pickel fresse und der Hufflepuff sich bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit in der Hose rumfummeln, um nach ihren nicht vorhandenen Eier zu suchen? Nun betrachtete Harry seine Finger und verzog dann so angewidert sein Gesicht, dass er Draco damit ein Lächeln entlockte. Na komm, ich nehme dir das Blut am Ohrläppchen ab. Draco rutschte näher, Harry wandte den Kopf ein Stückchen, sodass Draco einen guten Zugang bekam und er lief die Spitze des Stabes einige Millimeter vor Harrys Ohr schweben. Vorsichtig tippte er dagegen und zog den Zauberstab dann wieder zurück. Nach einem Blick auf die Uhr ließ Einstichstelle. Denkst du nicht auch manchmal, dass wir nicht nur zusammen frühstücken sollten, sondern auch mal was anderes machen? Ich meine, es ist dir echt nett und nicht wirklich anstrengend, aber jetzt, wo wir... Mit einem leisen erstickenden Laut auf den Lippen blickte Draco allahmiert zu der angelehnten Tür. Harry, ernsthaft, wer hat dir das Hirn raus gefügelt, hier so etwas sagen zu wollen? Sagen, was sagen? Ich wollte nur sagen, dass wir beschlossen haben, eine Beziehung zu führen. Zum dritten Mal überlegte Draco sich, ob eine blutende Stehne von der Tischkante nicht besser war als das, was hier gerade um ihn herum geschah. Vor allem hatte er nie gesagt, nicht mal im Ansatz, dass er eine Beziehung wollte. Wieder hörte er sich selber einen seltsamen Laut machen. Beziehung? Nein, die Verbindung scheint schlecht zu sein. Wann habe ich dir bitte gesagt, dass ich eine Beziehung mit dir möchte? Ich kann mich beim besten Willen nicht entsinnen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in letzter Zeit nicht obliviatet wurde, zischte Draco ihm zu. Wieder schien Harry das ganz locker zu nehmen und er legte den Kopf ein Stückchen schief, was Draco so sehr an ihm hasste. Dann nenne es eben nicht Beziehung, sagen wir eben eine seltsame Form einer Freundschaft. Selbst das hörte sich in Dracos Augen schon noch viel zu viel an. Aber wie sollten sie es sonst nennen? Ich bin deine Wieler, wir frühstücken zusammen und ab und an rette ich dir das Leben, aber wir lieben uns nicht und haben Sex miteinander, weil es eben nicht anders geht. Selbst als Abkürzung ging das nicht wirklich. IBD VWF ZAUA RIDD LAW LUNUH SMWEENAG Vielleicht traf das Wort Zweckbeziehung exakt das, was zwischen ihnen war. Dummerweise befand sich immer noch das Wort Beziehung darin. Harry zuckte die Schultern, strich mit einem Finger über das Holz des Tisches und fuhr fort, ohne auf die tiefen Falten auf Dracos Stirn zu achten. Also, hast du Lust, mal was außerhalb des Frühstücks zu machen? So als Todesser und Bezwinger Voldemorts? Das leichte automatische Zucken bei dem Namen brachte Draco dazu, die Zähne zusammen zu pressen. Er musste ernsthaft etwas dagegen tun, dass ihn dieser Name so verstörte. Vielleicht würde es helfen, wenn er es vor dem Spiegel üben würde, wieder und wieder den Namen des Dunklen Nords auszusprechen. Aber dann am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einem Desillusionszauber über sich. Etwas machen. Draco dachte kurz an seinen Sessel und seine Couch zu Hause, seine Bücher, die er noch lesen wollte. Und auf einmal kam er sich für den Bruchteil einer halben Sekunde schrecklich einsam vor. Von mir aus fauchte er Harry an, löschte das Feuer unter dem Topf, riss ihm ein Haar aus, was dieser mit einem leisen Hey! kommentierte und sich den Kopf rieb. Mit spitzen Fingern ließ er das Haar auf die glatte Oberfläche des Trankes fallen, besah sich zufrieden die nun grünliche Farbe in dem Kessel und schöpfte Harry dann etwas in ein Glas austrinken ordnete er an und Harry setzte es sich brav an die Lippen während er leise wegen des Geruchs röchelte oh Draco hatte die Fledermausflügel vergessen reinzumischen das erinnerte nichts an der Wirksamkeit des Trankes ließ ihn aber wie Kudung riechen und nach erbrochenem schmecken Draco grinste während Harry sich die bröckelige Konsistenz den Rachen Blicke in welchen er tief durchatmete und das öfteren trocken schluckte Draco könnte ihm ja ein Glas Wasser anbieten aber danach stand ihm irgendwie nicht der Sinn das hat irgendwie anders geschmeckt als sonst stellte Harry fest und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund Draco war kurz davor die Augen zu verdrehen Eulen angrabschen war das eine aber sich seinen Mund abwischen Bergtroll traf es einfach was Harry war ein unzivilisierter Bergtroll innerlich machte Draco drei Kreuze dass er und Harry niemals ein Kind haben würden das Ding würde sonst sicher alles in den Mund schieben was nicht bei drei weggerannt war das heißt wir haben ein Date froh lockte Harry vergnügt doch noch immer mit einer leicht heiseren Stimme hatte er sich heute doch entschieden um die Dummheit welche aus den Mündern seiner Kollegen fielen nicht mehr hören zu können oder hatte er sich doch den Kopf angeschlagen Draco glaubte nämlich sich verhört zu haben sein Grinsen gefror auf seinen Lippen einen Scheiß haben wir Potter ach komm schon es ist ein Date sag das nochmal nur ein einziges Mal und ich werde dir was abschneiden was dir nicht mehr nachwächst ohne Harry aus den Augen zu lassen legte Draco eine Hand auf ein langes silbernes Messer und strich langsam mit den Fingerspitzen darüber kurz folgte Harrys Blick Dracos Bewegung und dann grinste er ihn an seit wann nahm er das alles so locker zwischen ihn ich entscheide sagte Draco dann stand auf und holte sich seinen Umhang während Harry ihm folgte ein kurzes nicken des Helden als Antwort und Draco richtete die Schnallen an dem warmen Stoff um seine Schultern er öffnete die Hintertür und trat in die Gasse mit Harry an seinen Fersen entnervt drehte er sich zu Harry um ich ich weiß dass du der strahlende Held bist aber hast du den Trank schon bezahlt kurz dachte er nach dann schüttelte er den Kopf machte aber keine Anstalten sich umzudrehen was fragte Draco ihn genervt und fuhr sich kurz über die Stirn ich wollte dich fragen ob wir noch was trinken gehen wollen Dracos Augenbraue wanderte nach oben und er schwieg das würde er heißt das ja fragte Harry kleinlaut weiter warum nur war der Avada kedavra verboten ach ja richtig weil Harry dabei drauf gehen würde oder am Ende noch Mr Harry ich habe den dämlichen Fluch dreimal überlebt Potter wäre Draco schnaubte leise aber ja doch Baby doll lass uns händchen haltend in das nächste Café spazieren und uns gegenseitig mit Kuchen füttern und das alles noch mit rosa Herzen toppen die permanent um uns herum fliegen und um dem allen noch die Krone aufzusetzen werde ich mir ein Diadem besorgen auf welchem groß Wieler steht samt einem knallroten Pfeil welcher blinkend auf dich gerichtet ist mit der Aufschrift Herr oder was würdest du von T-Shirts halten Partner Look wäre doch echt cool nun war es Harry der ein wenig verdutzt aussah kannst auch einfach nein sagen murmelte er schob seine Hände in die Hosentaschen und kickte gegen einen Eisklumpen auf den Boden die Frage war so hirnlos dass ich sie nicht mit einem nein würdigen würde fang an zu denken Potter ich frage mich manchmal wirklich was du ohne deine Schlammblut Freundin machen würdest bevor Harry ihn scharf darauf hinweisen konnte dass er seine muggel geborene Freunde nicht so nennen sollte apparierte Draco war sich aber ziemlich sicher keine böse Erwiderung von Harry gehört zu haben er hatte eher sowas wie ein Lächeln auf dem Gesicht des Helden gesehen Teil 3 Warum gehen wir nicht rein fragte Harry nun zum dritten Mal nachdem Draco auf dieselbe Frage bereits zweimal nicht reagiert hatte langsam hörte der Held sich weinerlich und eingeschnappt an weil Draco ihn gekonnt ignorierte und den spärlichen Strom an Zauberern aus sicherer Entfernung verfolgte gerade apparierte ein dicklicher kleiner Mann mit einer großen blonden Blondine auf dem Bürgersteig und sie beeilten sich zu dem hintereingang der Fabrikhalle zu kommen kein Muggel würde sie bemerken dafür sorgten die Schutz Zauber welche Draco in der Luft schimmern sehen konnte neben ihn trat Harry gegen einen Kiesel schniefte hörbar und schlang seinen Umhang enger um sich Draco biss sich auf die Lippe während er auf seine Uhr schaute sie hatten noch fünf Minuten fünf Minuten waren aber immer noch zu viel Zeit also ließ er die Uhr zurück an seine Hosentasche gleiten und wandte sich Harry zu um ihn ein wenig bei Laune zu halten immerhin verdankte er ihm das alles hier und er hoffte auf weitere Dates bei denen er aussuchen durfte wo sie hingehen würden ich wusste nicht dass du auch Geschmack neben deinen Fetzen hängen hast begann er die Unterhaltung Harry sah gut aus er trug einen grauen Anzug mit einer grünen Krawatte was Draco hatte schmunzeln lassen aber nur so lange bis ihm die Gryffindor ansteckennadel daran aufgefallen war er hatte gespürt wie sein leichtes lächeln von seinem Gesicht gelaufen war wie heiße Butter in der Sonne er selber hatte sich für komplett schwarz entschieden und dazu trug er und nur einen leichten Überwurf an hatte wie auf Befehl nieste dieser schniefte und hob seinen Ärmel in die Richtung seiner Nase wage es Potter wage es deinen Schnodder an deinem Ärmel abzuwischen und ich werde dich in die Themse tunken und da werde ich dich so lange drin lassen bis du aufgeweicht bist Harry schniefte noch einmal und Draco wandte angewidert den Blick ab ich gerade hörte sich der Held wirklich an wie ein weinerliches Kleinkind und Draco hasste Kinder er war schon mit den Hauskameraden aus der Schulzeit nicht zurecht gekommen welche zwei oder drei Jahre jünger als er gewesen waren gut die weiblichen hübschen reinblütigen Mädchen hatten deine Ausnahme gebildet wenn für Draco Sex herausgesprungen war hatte er sich auch eine halbe Stunde lange dämliches Gequatsche angehört und sich in der Zeit überlegen können wie er sie am besten nehmen wollte Draco hob die Hand und auf seiner Handfläche erschien ein Stofftaschentuch welches Harry sich sofort griff um sich erst einmal kräftig zu schnäuzen Danke murmelte er und faltete es zusammen und sich erhielte es in den Händen nicht wissend ob er das weiße Tuch mit den Initialien dm Draco zurückgeben sollte sag mal willst du mich verarschen Potter nicht einmal mit einer Kneifzange würde ich deine Rotzfahne anfassen man merkt wirklich dass deine Mutter zu früh gestorben ist und egal wo du dann untergebracht gewesen warst sie hätten dir dort öfter mal den Hintern versohlen sollen Harry erwiderte nichts sondern schob sich nur schweigend das Tuch in die Hosentasche Draco hatte schon immer gewusst wenn er bei Harry in einem wunden Punkt stocherte und gerade hatte er eine wunderschöne große eitrige Blase gefunden war das deine wer du sprichst das aus ähm stablose Magie schloss Harry lahm Draco schnaubte nur wieder weil diese Frage einfach keine Antwort verdient hatte er wandte Harry den Rücken zu blickte noch einmal auf die Uhr und entschied dann dass sie lange genug gewartet hatten er streifte sich seine Kapuze über den Kopf und zog sie sich ins Gesicht erst danach trat er aus der Dunkelheit und machte sich auf den Weg zu der Hintertür Harry war ihm dicht auf den Fersen sie traten ein und fanden sich in einem großen fensterlosen Saal wieder Auf dem Boden lag ein roter Teppich und von der Decke hin große goldene Leuchter welche helles Licht spendeten Draco biss die Zähne zusammen als er sah dass noch immer einige Zauberer im Foyer standen an ihren Gläsern nippten und miteinander sprachen Sofort schwenkte Draco um und ging auf eine kleine pummelige Frau in einem schwarzen Hosenanzug zu Er reichte ihr die beiden Karten sich dort hinten und der Aufzug zu ihrem Balkon dort drüben sagte sie und deutete in die entsprechenden Richtungen doch Draco ging schon an ihr vorbei auf den schmalen Treppen Aufgang zu es waren nur geschätzte 30 Meter und er beschleunigte seine Schritte aber wieso sollte er Glück haben immerhin lief neben bzw. hinter ihm ein schwarzhaariger brillentragender Gigant der Zauberer Geschichte und mit unverwechselbarer Narbe auf der Stirn Harry Potter ein Mann trat ihm in den Weg und Draco kam kurz ins Straucheln Harry schloss zu ihm auf während nur noch andere Zauberer auf sie zuströmten Mr. Potter es ist mir eine Ehre Richard Roman mein Name ich leite den Laden Qualität für Quidditch ich habe gehört dass sie ein ausgezeichneter Hobbysucher sind Harry Son wurde ergriffen geschüttelt und während Draco zusehen konnte wie die Schleimpfütze um sie herum größer wurde nicht mehr los gelassen ihr neuer Rennbesen ist wirklich ein Schmuckstück gab Harry zurück und auch wenn Draco den Kopf gesenkt hielt konnte er das falsche freundliche Grinsen praktisch mit den Händen greifen es wäre mir eine Ehre ihn als erstes den neuen Besen überreichen zu dürfen natürlich als Werbegeschenk mit einigen Vertretern der Presse Sie kennen Frau Kim Korn Ein Schnauben konnte Draco nicht unterdrücken und versuchte es irgendwie noch als husten zu tan wobei er allerdings kläglich scheiterte weil es sich nun noch herablassender anhörte Harry war so reich dass er sich alle Rennbesen aus dem Laden kaufen könnte plus die halbe Winkelgasse und dann noch immer genug Draco hatte sich über Harrys Finanzlage kundig gemacht ihm gehörte das Potter Vermögen und durch den Tod seines Paten auch das Black Vermögen die Malfoys und damit Draco waren reich aber gegen Harrys Gold und dessen Verlies würde er sicher verlieren wenn sie sich zusammentun würden dann wären sie die reichsten Männer Englands dass es allerdings nur Harry war der reich wäre da Draco automatisch enteignet worden war ignorierte er gekonnt nun hatte er die Aufmerksamkeit des Mannes erregt der ihn musterte und Draco senkte den Kopf noch ein Stückchen und wer ist ihre Begleitung Miss Weasley nehme ich an Draco schnaubte noch einmal und dieses Mal versuchte er es erst gar nicht zu verstecken als ob Harry jemals mit der Kröte hierher kommen würde unsanft drängte er sich an den Mann vorbei und durchquerte die kleine neugierig gaffende Menge er hielt die Luft an ob ihn jemand erkannt hatte und gleich sein Name fallen würde aber er hatte Glück atmete jedoch erst wieder tief durch als er in den Treppenaufgang trat er streifte sich die Kapuze ab und schritt die enge Wendeltreppe empor ohne auf Harry zu warten erleichtert trat er auf den er sich seufzend auf den großen weichen Stuhl sinken ließ er hatte es geschafft hier herein und hoch zu kommen ohne dass er erkannt worden war nun musste er sich nur noch sehr unmelvollhaft wieder herausschleichen wenn sie gehen wollten das war aber nicht sehr höflich Draco drehte sich zu Harry um der sich anhörte als er die Stufen hinauf gesprintet mir egal fällt ja auf deine kleine Kröte zurück nicht auf mich er hörte wie Harry die Schnallen seines Omanx öffnete und sich daneben ihn fallen ließ was hat er denn dazu gesagt fragte Draco nun doch neugierig Harry blickte ihn an nachdem er die vollen Zuschauer reinge gemustert hatte nichts hat er dazu gesagt ich habe sein Angebot höflich abgelehnt und dann gesagt dass ich mit dir hier bin und wir schon zu spät dran wären Draco verschluckte sich an seinem eigenen Speichel du hast was gesagt schnauzte er ihn an und ignorierte dass das Licht gedämmt wurde warum traust du mir eigentlich immer zu mich wie ein vollkommener trottel zu benehmen weil du ein vollkommener vertrottelter bergtroll bist die bockigkeit in Harrys blick war phänomenal ich habe deinen Namen nicht erwähnt dass du ein alter schulfreund bist oh super du kannst dir doch sicher sein dass morgen in der zeitung steht Harry potter trifft sich mit einem unbekannten nachdem er genie weasley angekokelt auf der siegesfeuer hat stehen lassen wer ist der neuer an potters seite Harry wollte etwas erwidern aber draco unterbrach ihn nein sag nichts du hast recht das ist keine schlagzeile viel zu lang wie wäre es stattdessen mit potter schwul die angriffslust schwand aus Harrys blick und er grinste dann ein wenig schief lägen sie damit so falsch nun war es du echo der harry anfunkelte dir kann dein ruf gleich sein du hast ein helden image welches sich davor schützt in dreck gezogen zu werden ich habe nur mein heißes schwarzes tattoo bei mir brauchen sie erst in welches sie mich schubsen können ich stehe dank diesem kleinen kleidsamen mal permanent bis zu den oberschenkeln drin ohne dass ich auch nur den mund aufgemacht habe du du siehst das ganz falsch mein name wird ständig durch den dreck gezogen entweder du hängst dich daran auf und schreibst beschwerdebriefe oder du wartest bis es den leuten langweilig wird und die wahrheit raus kommt erinnerst du dich an unser viertes schuljahr als Voldemort wieder aufgestanden ist und mir niemand glauben wollte idioten sagten sie gleichzeitig und grinsten sich dann an Harry war dabei gewesen und Draco hatte von seinem Vater erfahren dass der dunkle Lord wieder da war um einen themenwechsel bemüht sagte Harry willst du hier nach er hob die hand und wedelte in Richtung der Bühne noch was trinken gehen ich wenn du willst Draco dachte kurz über eine Antwort nach wurde aber unterbrochen als in dem Graben die Musik angestimmt wurde und die erste Sängerin auf der Bühne erschien und blieb Harry so eine Antwort schuldig vielleicht war er altmodisch oder aber seine Eltern hatten auch in dieser Hinsicht einen sehr positiven Eindruck bei ihm hinterlassen jedenfalls liebte er die Oper Theater war etwas für Gossen Draco holte wohlig tief Luft und spürte die Magie der ganzen anwesenden Zauberer aus seiner Haut welche den ganzen Raum erfüllte Es war über fünf Jahre her dass er das letzte Mal hier gewesen war Das Stück war wirklich gut und die magischen Effekte ordentlich durchdacht und ausgeführt Als die Sänger auf die Bühne kamen um ihren Applaus entgegen zu nehmen griff Draco sich seinen Umang und ging gefolgt von Harry hinaus Sollte man am Ende nicht bleiben und ihre Anstrengung mit ein wenig Applaus würdigen fragte dieser nach und schritt hinter Draco die Stufen hinab Das ist ihr Job Sie leben nicht davon dass man ihnen zujubelt sondern Karten für das nächste Stück kauft Das wissen sie das weiß ich Hat dir denn jemals jemand applaudiert wenn du eine Potter wird natürlich auch das von stehenden Ovationen begleitet Kannst du dir überhaupt deine Schnürsenkel binden ohne dass das am nächsten Tag in der Zeitung steht Harry schnaubte hinter ihm und stieß ihm gegen das Schulterblatt Du bist ein Arsch Malfoy Ich liebe dich auch Potter gab er nur zurück Er hörte wie Harry hinter ihm kurz verharrte und sich dann beeilte den Abstand zwischen Sarkasmusschild vor die Nase zu halten Mahnte Draco blieb stehen und musste Harry auffangen der in ihn hineingelaufen war Entschuldige nuschelte dieser und schob sich seine Brille wieder auf die Nase Er fummelte seinen Zauberstab aus der Tasche Soll ich den Zauber über dich legen Draco verzog das Gesicht Wehe ich sehe hässlich aus Du bist so eitel Ich kann eitel sein weil ich gut aussehe Arsch Draco grinste Auf welchen du ziemlich abfährst Vergiss das nicht Mr. Schnellschießer Zu Dracos absoluter Freude blickte Harry ihn wütend an aber gleichzeitig bekam er rote Flecken auf den Wangen Das war das Beste daran Ihre kleine Zweckbeziehung schien Harry mehr zuzusetzen als Draco Im Grunde genommen war es eben nur Sex Aber damit schien Harry im Gegensatz zu Draco nicht umgehen zu können Harry hob den Stab und begann leise zu mumeln während Draco spürte wie sich der Zauber über ihn legte Es kribbelte nur leicht auf der Haut und Harry betrachtete ihn zufrieden Teil 4 Sie gingen die letzten Stufen bis zum Foyer und Draco betrachtete sich in einen der angebrachten Spiegel Ihm blickte ein junger Mann mit braunen Haaren und Augen entgegen Seine Haut war viel dunkler geworden und seine Züge waren nicht mehr so aristokratisch und spitz zulaufend sondern viel weicher Er sah Harry leicht ähnlich und dem Wiesel ebenfalls wie er feststellen musste Er war eine Mischung aus Wiesel und Holy Potter geworden Vielleicht sollte er sich wirklich mal ertrinken gehen Aber die Temse war so kalt und vor allem dreckig Draco verwarf den Gedanken wieder Also einfach Zähne zusammenbeißen und hoffen dass es nicht so übel werden würde wie er dachte Insgeheim musste Draco Harry für seine Wahl loben Er hatte eine Zaubererbar ausgesucht welche im Herzen Londons lag Es war Wochenende und alle Tische besetzt Aber Harry wäre eben nicht Harry Potter wenn ihm nicht sofort ein reservierter Tisch angeboten worden wäre Es war voll aber durch einen Zauber waren die Gespräche um sie herum gedimmt Harry bestellte sich ein Bier und Draco bzw. die Mischung aus dem Helden und der Ratte einen Wein Das mit dem Wein bereute Draco beim ersten Schluck Er war widerlich auf der Zunge und absolut scheußlich im Abgang Sofort revidierte er seine Meinung zu diesem Laden Und jetzt? fragte Draco Harry nachdem die meisten Leute den glorreichen Helden nicht mehr anstarrten wie eine Erscheinung und er den Mutigen ein Autogramm auf verschiedenste Rechnungen und Servierten gegeben hatte Reden wir? gab Harry nur zurück und nippte an seinem Bier welches er aus der Flasche trank eine Unart wie Draco fand doch er verbiss sich jeglichen Kommentar Worüber? Harry zuckte mit den Schultern Worüber sollten sie reden? Sie mussten die Schulzeit meiden da sie sich dann nur in den Haaren gehabt hatten Sie mussten Aktivitäten jeglicher Art streichen denn Draco hatte vor dem Tod des Lords versucht alles dafür zu tun dass Harry starb also keine Zeit gehabt sich ein Hobby zu suchen Danach hatte Draco nicht viel mehr gemacht als zu lesen und nach einem Bücherwurm sah Harry nicht aus Harry durfte nichts über seinen Job erzählen und wenn Draco Harry etwas über Tränke erzählen würde dieser sich betrinken um es zu ertragen und über ihre Beziehung konnten sie gleich zweimal nichts sprechen Sie blickten sich an sahen dann wieder weg drehten ihre Getränke hin und her und Draco kam nicht drumherum ab und an an seinem Wein zu nippen um etwas anderes zu tun als sich um zu schauen gehen wir zu mir fragte Harry plötzlich und starrte angestrengt seinen Flaschenhals an das ist jetzt aber nicht dein Ernst du versuchst mich wirklich mit dieser billigen Masche abzuschleppen ähm ja fragte Harry ihn hilflos und Draco stöhnte auf er vergrub sein Gesicht in den Händen na von mir jetzt starrte Harry ihn wie eine Erscheinung an und Draco konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen Sarkasmus fragte Harry nach nur wahre und aufrichtige Liebe Baby Doll nur wahre ewig andauernde Liebe Draco genoss die Verwirrung auf Harrys Gesicht er schien abzuwägen ob Draco ihn aufzog und schien mit seinen Gedanken auf keinen grünen Zweig zu kommen Draco erbarmte sich nach einigen Augen blicken legte ein wenig Geld auf den Tisch und stand dann auf Harry beeilte sich es ihm gleich zu tun sie traten gemeinsam aus dem lokal in welchem sie sich schätzungsweise nur fünf Minuten aufgehalten hatten und Harry nahm Draco am Arm sie landeten vor der Tür zu seinem Haus Harry schloss auf und nahm Draco seinen Umhang ab Bevor Harry wieder anfangen konnte sich wie eine Jungfrau aufzuführen übernahm Draco die Führung ging in die Küche und inspizierte die Weinflaschen er wollte den Geschmack des Discounter Weines aus seinem Mund bekommen das ist alles billiger Fusel stellte Draco fest nachdem er hörte dass Harry in die Küche getreten war ohne zu zögern griff Draco noch einer Flasche mit selbst gebrannten Schnaps sie war zu Hälfte leer und er schenkte ihnen zwei Gläser ein eines reichte er Harry das andere trank er selber aus für die Ratten Familie ist er gar nicht schlecht gestand Draco und füllte ihre Gläser erneut woher weißt du dass ich den von den Weasleys habe ja woher eigentlich wer macht sich sonst schon noch die Mühe selber Schnaps zu brennen gab Draco zurück runzelte aber leicht die Stirn er trank sein zweites Glas leer und stellte sich unweigerlich noch einmal die Frage woher wusste er das er war sich sicher dass er die Flasche noch nie gesehen oder etwas davon getrunken hatte Harry war näher gekommen und unterbrach so Dracos Gedanken er stellte sein Glas ab schob sich noch ein Stück näher an Draco heran legte die Hände an dessen Hemd und zog ihn ein Stück zu sich runter so viele wunderbar sarkastische und teilweise böse Antworten brannten auf Dracos Zunge aber er schluckte sie alle runter immerhin stand hier Sex auf dem Spiel und ewig nur an sich selber rumfummeln war auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei also verkniffe er sich den Spruch sei zärtlich ja wie man ihn in jedem zweiten porno zu hören bekam genau wie hast du gummies ohne mach ich es nicht und er schauderte nur wohlig als Harrys Lippen seine berührten nur ganz kurz und flüchtig dann löste sich Harry wieder von ihm ich kann nicht du er zog seinen Stab richtete ihn auf Dracos Gesicht und Draco sah eine seiner langen Strähnen welche ihm ins Gesicht hingen wieder blond werden besser murmelte Harry dann leise und schob seinen Zauberstab zurück in seinen Ärmel Harry vergrub seine Hände kurz in Dracos Haaren fuhr mit den Fingern hindurch und begann nachdem er die Krawatte gelockert hatte nun auch Dracos Hemd zu öffnen Draco zögerte kurz dann entschied er sich dafür war er es nun der sich einem kleineren fest krallte und ihn hungrig zu sich zog sie küssten sich tiefer und intensiver ehe Draco sich ein Stück weg drückte und Harry dann die Brille von der Nase zog er ließ sie neben sein leeres Glas auf den Tisch fallen ignorierte das leise klirren als eines der Gläser in Mitleidenschaft gezogen wurde genauso wie Harrys leisen Protest indem er ihn nun komplett zu sich zog und ihn mit einem Kuss zum Schweigen brachte Draco ließ sein Hemd in der Küche zurück und sie strauchelten mehr als dass sie die Treppe hinauf gingen während sie versuchten sich nicht voneinander zu lösen die Finger in den Haaren des anderen vergraben oder sich gegenseitig halbstützend halbzerrend Harry konnte so wunderbar Dracos Kopf ausschalten noch bevor sie durch seine Schlafzimmertür waren spürte Draco seine eigene Erektion in seiner Hose genauso wie die von Harry welche sich eng an sein Bein drückte kurz dachte er darüber nach dass er es gewesen war der das letzte mal hatte herhalten müssen und gerechtigkeitshalber nun er den gebenden Part einnehmen sollte exakt das dachte er dann fiel er Punkt an Dracos Hals welcher Draco dazu brachte sich augenblicklich Harry entgegen zu drängen und leise zu wimmern verdammt wie machte er das nur gerade hatte er doch noch an etwas gedacht etwas wobei es um seinen Hintern ging doch auch dieser Gedanke wurde unterbrochen als Harry seine Hand in Dracos Hose schob und ziemlich heftig seine Erektion packte Draco biss die Zähne schütteln denn oh Merlin er war so kurz davor Harry anzuflehen ihn von dieser störenden Hose zu befreien um seiner Hand mehr Spielraum zu verschaffen sie rollten über die Matratze zehrten unwillig an den Hosen und daran befestigten Gürteln welche sich nicht so leicht ausziehen ließen da ihre Zauberstäbe neben das Bett gefallen waren schließlich kamen sie verschwitzt erregt und zitternd ziemlich am Rand ganz in der Nähe des Nachtisch Schenkins zum Liegen Harry drückte sich von ihm hoch blickte ihn an küsste ihn wieder und strich mit der Nase über Dracos Kiefer ich hätte nie gedacht dass sie das jemals zu einem Kerl sage aber du siehst wirklich gut aus Draco schnaufte nur leise mach jetzt nicht alles mit einem Gedicht kaputt welches du an meine ebenmäßige strahlende Schönheit richtest natürlich wäre das nicht so weit hergeholt immerhin er wurde verbrochen als Harry ihn wieder küsste in ein ziemlich wildes Zungenspiel verwickelte und dann anfunkelte wer macht hier gerade die Stimmung kaputt ohne ihn aus dem Blick zu lassen um eingreifen zu können wenn Draco wieder etwas sagte öffnete er die Nachttisch Schublade und kamte mit einer Hand darin herum Draco folgte Harrys Arm und runzelte leicht die Stirn als er die Bücher auf der Ablage Fläche liegen sah unsanft schob er Harry von sich runter welcher gerade triumphierend das Kleitgel gefunden hatte und zog die Bücher zu sich während Dracos Blick finster wurde versuchte Harry ihn nun gleichzeitig zu küssen und die Bücher aus seinen Händen zu ziehen das ist nicht dein Ernst bent over the complete guide to anal sex las Draco den ersten Titel des Buches laut vor legte es weg und betrachtete das nächste joyful gay sex auf dessen cover praktischerweise ein blonder Mann einem dunkelhaarigen über die Brust leckte das letzte war ein rotes Buch mit dem Titel die bibel der schulen sex Draco suchte Harrys Blick der inzwischen fasziniert seine Zehennägel inspizierte und nicht daran dachte seinen roten Kopf zu heben also schlug Draco dass mehrere Stellen mit einem Marker rosa hervorgehoben waren er überflog die Seiten auf denen es um Themen wie Gleitgel Sexspielzeuge und Geschlechtskrankheiten ging sein Blick blieb an einem Absatz mit dem Oberthema Vorbereitung hängen als Vorspiel vor dem Analverkehr kann der Anus mit den Fingern stimuliert werden sollte das Eindringen des Penis vom passiven Partner als Dehnung und Gewöhnung ein gutes Hilfsmittel Die folgenden Ausführungen wie man einen Plug richtig benutzte und auf was zu achten war schenkte sich Draco dafür blieb sein Blick an dem doppelt unterstrichenen Wort Plug hängen und einer Eingebung folgend beugte er sich zu der Schublade um sich dann gleich wieder stöhnen zurück zu ziehen Harry machte ein leicht warnendes halb würgendes Geräusch als er Dracos Absicht erkannte ihn aber nicht mehr zurück halten konnte es lagen drei noch frisch verpackte Plugs neben einigen weiteren Dingen die Draco sich nicht so genau ansehen wollte in dem Schubfach das kann doch einfach nicht dein Ernst sein mummelte Draco aufgebracht in seine Hände welche er sich vor sein Gesicht gedrückt hatte von seiner Erektion war nicht mehr viel zu sehen eigentlich glich überlegte sich sein Penis gerade sich zu verkriechen um nie wieder das Tageslicht erblicken zu müssen die sind nicht von mir also schon irgendwie Hermine hat sie mir Draco riss die Hände von seinem Gesicht du hast es Schlammblut erzählt kreischte er einige Oktaven zu hoch ließ sich zurück aufs Bett fallen winselte leise und zog sich ein Kissen auf sein Gesicht bitte drück zu ich flehe dich an stütz dich mit deinem ganzen Gewicht drauf und bring mich um nuschelte er dumpf in die Federn Lady Schlammblut selbst ernannte Retterin von allen minderwertigen Geschöpfen heldenhafte Mitstreiterin gegen den Lord wusste nicht nur dass sie eine Wieler war sondern auch noch von dem Sex den er mit Harry gehabt hatte damit nicht genug sie schien auch zu wissen wie mies es gewesen war und daraufhin hatte sie sich ganz der Bücherwurm und Gryffindor eben dran gemacht dem großen Harry Potter eine Auswahl an schwulen Ratgebern zusammen zu stellen in welchen sie ihm auch noch die wichtigsten Dinge unterstrichen hatte aber auch damit nicht genug es wurde immer besser zu allem Überfluss hatte sie ihm auch eine Plagsammlung geschickt in drei wunderbaren Größen so passende Größe zur Hand hatten wahrscheinlich schickte die Besserwisserin das nächste Mal die gleichen nur in rot für Harry sintern Draco konnte den rosa Klebezettel praktisch vor sich sehen welcher an der Verpackung hing lieber Harry ich habe dir die Plags geschickt die wir auch benutzen die großen sind für mich der kleinste passt auch bei Ron alles liebe H bring mich um bitte flehte Draco einfach um das Bild welches gerade vor seinem inneren Auge entstanden war wieder los zu werden aber Harry zog ihm nur das Kissen vom Gesicht und sammelte die Bücher ein er schob sie unter das Bett und schloss die Schublade sie meint das wirklich nicht böse sie versucht mir nur dabei zu helfen dass wir naja Draco setzte sich auf und strich sich sein wir abstehendes Haarglatt sag mir nicht dass du wirklich mit ihnen über das hier er wedelte kurz hilflos zwischen ihren nackten Körpern hin und her redest sie sind meine besten Freunde Frank ist mein bester Schneider trotzdem zeige ich ihm nicht meine Unterwäsche das ist nicht dasselbe aber ziemlich gab Draco nur zurück sie schwiegen sich wieder an musterten sich ok dann werden wir jetzt hier einige Regeln aufstellen durchbrach Draco die Stille das hier wieder deutete er auf ihn Harry und das Bett geht weder deine Schlammblut Wiesel Kombination noch mein Schneider etwas an klar soweit Harry nickte zögernd wunderbar du kannst ihnen erzählen was immer du willst aber das er nickte mit dem Kinn in Richtung Schublade will ich nie wieder sehen es kann aber ganz hilfreich sein wenn bababababab unterbrach Draco und wirsch du willst Sex funktioniert nur noch mit mir also mein Körper meine Regeln Harry schmollte kurz und nickte dann während Draco Tiefluft holte gerade als er sich überlegte ob er jemals wieder auch nur an Sex denken können würde ohne die Ratte vor sich zu sehen wie sie von dem Schlamm blut er kniff sich heftig in den Oberschenkel um das Bild aus seinem Kopf zu vertreiben kam Harry zögernd näher und blickte Draco an darf ich dich küssen während während nun jeder Frau bei diesen grünen Augen unter dem wirren schwarzen Haar das Herz aufgegangen wäre begann Draco zu kichern auch Harry grinste ein wenig beugte sich vor und wartete nicht auf die positive Antwort er zog Draco näher zu sich um schlangen ihn und kippte mit ihm seitlich auf das Bett Draco war erstaunt wie schnell sein Körper auf die zarten Streicheleinheiten einging wie schnell er wieder in Fahrt kam er leise zu keuchen begann während Harrys Mund und Finger überall gleichzeitig an seinem Körper zu seinen schienen seine Finger fuhren langsam über seinen Bauch die langen Narben nach strichen sanft über seine Erektion und verweilten dann an seinem Bein darf ich fragte er wieder und diesmal nickte Draco nur er angelte sich die kleine Flasche drückte sich ein wenig von dem Gel auf die Finger und schob sie dann zwischen Dracos Po backen während er wieder dessen Mund in Beschlag nahm vorsichtig schob er einen Finger in Draco und löste sich von ihm um dessen Reaktion zu sehen Draco wimmerte leise es tat nicht weh sondern zog nur ein wenig allerdings wusste er wie sehr es hinterher wehtun konnte und darauf war er gar nicht scharf warum war er noch einmal hier richtig sonst würde seine jungfräulichkeit wiederhergestellt werden wenn er so lange keinen sex haben würde und als jungfrau sterben stand nicht auf seinem plan zum ersten gesellte sich bald der zweite Finger und Harry ließ Dracos Gesicht nicht aus den Augen bei dem kleinsten Anzeichen von Schmerz oder Unwohlsein zog er sich ein Stückchen zurück wartete einen Augenblick und machte erst dann weiter sobald Draco sich wieder etwas entspannt hatte auch wenn dieser sich lieber die Zunge abgebissen hätte als das laut zu sagen aber es fühlte sich wirklich gut an ungewohnt aber gut er keuchte auf als Harry zu drei Fingern überging und konnte nicht verhindern dass ihm dabei dessen Name über die Lippen kam am liebsten wollte er sich auf die Hauselfen hat selber bestrafen sich die Finger bügeln zum Beispiel vor allem als er das freudige Glänzen in Harrys Augen sah ein kurzes zögern dann entzog er ihm einen Finger wieder und drang mit seinen Zwein erneut in ihn ein dieses Mal tiefer aber genauso vorsichtig sanft zog er seine Finger komplett zurück und wiederholte das Spiel bis Draco plötzlich aufjabste und seinen Rücken durchbog er sah keine Sterne und ihm wurde nicht schwarz vor Augen aber dafür fühlte es sich wie eine Vorwelle eines Orgasmus an mach das nochmal ordnete er an auch wenn sich seine Stimme nicht ganz nach ihm selbst anhörte Harrys Finger stockten kurz dann strichen sie wieder über diesen Punkt und dieses Mal war es fast noch besser Hermine hat mir das durfte doch jetzt einfach nicht wahr sein noch eine Regel erwähne während wir in einem Bett liegen nie wieder den Namen deiner Schlammblut Freundin und auch nicht deiner Lieblingsratte klar fuhr er ihn an und ließ ihm keine Zeit für eine Erwiderung indem er ihn am Nacken zu sich herunter zog halt einfach die klappe Potter je weniger du sagst desto weniger oft will ich dich umbringen zerstückeln und dann wieder in einem Wald verscharren Harry grinste nah an Dracos Lippen Draco schmeckte Harrys verbrauchte Luft und schloss erneut genussvoll die Augen während Harry ihn küsste vorsichtig als ob Draco eine seltene zerbrechliche Puppe wäre um welche sich Harry besonders kümmern musste zog er seine Finger aus ihm verrieb noch ein wenig von dem Gel auf seiner Erektion und rutschte dann zwischen Dracos Beine kurz überlegte Draco ob es nicht besser wäre wenn er auf die Knie gehen würde verwarf den Gedanken aber wieder als er Harrys wunderbar halb verlegenen halb erregten Gesichtsausdruck sah Harry strich Draco über den Oberschenkel beugte sich dann ein Stückchen vor und setzte seinen glitschigen Penis an er hatte tiefe konzentrierte Falten auf der Stirn während er ein Stückchen in Draco eindrang dann sofort zu ihm hoch sah und seine Schmerzen abzuschätzen suchte mit genauso viel Feingefühl schuppert sich einige Millimeter weiter stockte wieder kurz und ließ sich schien nichts anderes zu kümmern als Dracos Gesichtsausdruck er musterte ihn eingehend und Draco wünschte sich einfach nur dass er endlich damit aufhörte natürlich war Fingerspitzengefühl gefragt aber kein Slow Motion Fick du kannst ein wenig schneller wenn du fuck fluchte Draco und seine Finger kratzten über das Bett lagen was Harry vorhin mit seinen Fingern nur gestreift hatte hatte er nun voll erwischt wenn du dich jetzt zurück ziehst werde ich dich in die zeit zurückschicken und dich wieder in snapes Merlin zu dem ersten fluch hatte Harry sich schon besorgt herausziehen wollen hatte es sich während Dracos Schimpftriade allerdings anders überlegt und noch einmal zugestoßen und das Merlin sollte auch Dracos letztes vernünftiges Wort sein das er in den nächsten Minuten über die Lippen brachte Harry zog sich behutsam ein wenig zurück positionierte sich bequemer und stieß wieder zu was Draco ein erregtes Wimmern entlockte angesprochen von diesem laut wiederholte er die Bewegung fand einen flüssigen aber nicht zu harten und rückartigen Rhythmus und versenkte sich immer wieder kochend in ihn Draco hingegen war sich sicher dass er niemals besseren Sex gehabt hatte denn dieses Gefühl das Harry in ihm auslöste ließ die unzähligen Male davor in einem ziemlich schlechten Licht erscheinen oder war das nur das Gehen das alles super fand was Harry mit ihm anstellte egal immer wieder nahm Harry sich die Zeit Dracos Oberkörper zu küssen oder mit den Lippen darüber zu streifen während er das Tempo langsam anzog Harry kam viel zu früh und viel zu schnell aber dieses Mal nahm er sich Zeit für Draco Er ließ den Kopf kurz hängen versuchte wieder zu Atem zu kommen und zog seinen erschlaffenden Penis aus ihm heraus Gerade als Draco mit einer Tirade von Bemerkungen über ihn herfallen wollte legte er seine Hand um Dracos tropfende Erektion und begann ihn zu stimulieren Draco ließ den Kopf zurück in die Kissen fallen schloss zufrieden die Augen und ignorierte die Feuchtigkeit zwischen seinen Po Backen Er wollte lieber gar nicht so genau wissen was da gerade aus ihm heraus lief und auf Harrys Bettdecke tropfte Die Hand die ihn verwöhnte war nicht die beste Er setzte bei weitem keinen feuchten Mund oder einen warmen Frauen Körper Aber Harry brachte ihn dazu zu kommen Harry betrachtete ihn während er Schultern fiel Harry hatte es geschafft sie hatten Sex gehabt und er hatte seinen Partner befriedigen können Auf Harrys Gesicht breitete sich ein seliges Lächeln aus während seine Finger von Dracos Sperma verklebt waren Langsam ließ er sich neben Dracow das Kissen sinken Die Hand seltsam verringt zwischen ihnen in der Luft haltend um nichts zu beschmieren Könntest du fragte Harry leise Träge hob Draco die Hand und bewegte kurz die Finger Er spürte wie die Feuchte von seinem Bauch und seinem Hintern verschwand und auch Harry legte nun seine saubere Hand auf die Decke zurück Er lächelte zaghaft und fuhr Draco sanft mit der Hand über die Wange Draco wandte ihm den Kopf zu er widerte das scheue Lächeln beugte sich vor und küsste Harry dieser kopfkissengroße Wolke aus welcher es kleine rote Herzchen regnete die einen süßlichen Duft verbreiteten Harry starrte die Wolke mit offenem Mund an und verschluckte eines der Herzen welches er hustend ausspuckte dann blickte er irritiert zu Draco was fragte dieser zurück ich dachte das würde die Stimmung ein wenig unterstreichen dachte auch an fliegende kicherne Feen oder wären dir kleine harfespielende Putten lieber Harry schnaubte griff ein Kopfkissen und schlug es Draco ins Gesicht Arsch hatten wir das heute nicht schon und uns darauf geeinigt dass ich besser bin als du ich wiederhole Arsch aber immer doch Baby Doll Draco grinste breit robbte ein Stückchen von Harry weg und zog sich eine Decke über die Schulter Harry löschte das Licht und dann wühlte auch er sich unter eine der Decken sie schwiegen sich an und Draco begann langsam einzuschlummern vollkommen nackt und auch ziemlich zufrieden mit sich und der Welt vielleicht sogar auch mit Harry einige Zeit hörte er nichts von Harry dann drehte dieser sich um und Draco hatte das Gefühl durch die Dunkelheit angestarrt zu werden er spürte auch an der leichten Bewegung der Matratze wie sich der andere immer wieder stockte er in seinen Bewegungen er schien mit sich selbst zu ringen und darauf bedacht zu sein Draco nicht zu wecken Draco konnte Harrys Atem schon an seinem Nacken spüren als er sich den letzten ruck gab und unter seine Decke schlüpfte er zögerte noch einige Augenblicke und schob sich dann noch näher dass Draco Harrys warme Brust und Bauch an seinem Rücken ob er Harry einen Eiterfluch aufhalzen sollte oder ihn schlicht und einfach fragen ob das ihr wirklich nötig war ihm diese Grenze klar aufzeigen sie hatten nur Sex kein Gekuschel keine Liebeschwüre nicht mehr aber auch nicht weniger er würde ihn gleich von sich schieben mit einem passenden Spruch auf den Lippen nur einen Moment wollte er die Nähe genießen nur einen kleinen Augenblick lang Teil 6 Draco erwachte am nächsten Morgen als ihm eine warme Hand über die bloße Brust strich er hielt die Augen geschlossen und genoss die zärtlichen Streicheleinheiten auf seine Haut Harrys Finger fuhren ihm sanft über die langen Narben welche er ihm selbst zugefügt hatte Anfangs hatten sie Draco gestört als sie ihm die Verbände abgenommen hatten und er sich zum ersten Mal in einem Spiegel gesehen die Krankenschwester und Snape waren dabei gewesen vor ihnen hatte er sich die Tränen verhalten können als ob es ihm gleich sei hatte er mit den Schultern gezuckt und dann gesagt fast so cool und unverwechselbar wie die Blitznarbe dann hatte er sich ein weißes Hemd angezogen und war gegangen seine ansonsten makellose Haut war durch diesen Fluch zerstört worden es sah wirklich aus als hätte jemand ihn mit einem Schwert maltratiert es tut mir leid was damals passiert ist ich wusste nicht genau was das für ein Fluch war murmelte Harry ihm leise zu woher wusste Harry dass er wach war stellte er etwa sein Schnarchen ein wenn er auf wachte hörte er auf zu sabbern mit geschlossenen Augen antwortete Draco ihm sei unbesorgt kleiner Held wenn ich diesen Fluch gekannt hätte dann hätte ich ihn auch auf dich geschleudert und es nicht nur mit einem lächerlichen Kruzi Hattos versucht damit entzog er sich den Fingern und ging nackt wie er war ins Bad die nächsten eineinhalb Wochen verbrachten sie in trauter Zweisamkeit wie Harry es bezeichnet hatte woraufhin Draco voller Sehnsucht an sein eigenes Bett gedacht hatte immerhin hatte er weiteren Tagen hatten sie sich zum Mittagessen getroffen es war immer noch seltsam seinem alten Feind und Widersacher gegenüber gesessen zu haben es gab viele Themen welche sie umschifft hatten alles was den dunklen Lord und den Krieg anging hatten sie gemieden wie die Pest einfach um ihre vorsichtige Zweckbeziehung nicht zu zerstören dafür fing sie langsam an sich über die Schule zu unterhalten über die Lehrer und die Mitschüler auch wenn sie sich dabei auf die Häuser Ravenclaw und Hufflepuff beschränkten bei den Lehrern ließen sie Snape Moody und Dumbledore aus aber sie begann zu reden auch wenn es dabei immer wieder seltsame Pausen zwischen ihnen gab und Harry mehr als einmal Richtung Dragos linken Unterarm gesehen hatte beim Frühstück lasen sie Illusionszauber verbessern müssen Draco wollte einfach nicht mehr wie eine Mischung aus Harry und der Ratte aussehen Dass Draco die Abende bei Harry verbracht hatte einen anderen Grund als die Wieler zu beruhigen Harry hatte einen Fernseher Als Draco ihn gefragt hatte wie das Muggelding funktionierte da es ja Strom verbrauchte und das alte Black House eindeutig keinen Stromzugang hatte hatte Harry nur gegrinst weißt schon dass ich dir damit einen Haufen Ärger machen könnte wenn ich das den richtigen Leuten stecke oder hatte Draco ihn gefragt Draco war Harrys ruhige Antwort gewesen während er es sich auf der Couch gemütlich neben ihm gemacht hatte Ich denke dass die Erhoeren sich nicht nicht allzu genau die Kerk Mayfall Männer ansehen sollten Ich bin mir sicher da starben sich schmerzmagische illegale Gegenstände oder Ich bin ein Todesser ein Malfoy und dein Zillusion Bring mich nicht in Versuchung meinen Namen auf der Titelseite der Zeitung durch deinen ersetzt sehen zu wollen Was gibt es schöneres als sich empört über den Helden aufzuregen Da werde ich auf einmal ganz uninteressant Zudem wurde ich nicht enteignet Gehört das ganze schmerzmagische Kram nicht jetzt auch dir Die Zauberer Welt wäre schockiert dass du die echte Mona Lisa in deinem Besitz hast Harry hatte sich an einem Chip verschluckt welchen er sich gerade in den Mund geschoben hatte Ihr habt die Mona Lisa aus dem Louvre geklaut Ein leises Kichern dann hatte Draco sich bequemer zurückgelehnt Er hatte seinen Anzug gegen eine bequemere Stoffhose und ein schwarzes Hemd getauscht Niemals würde er sich eine blaue Muggelhose aus Polyester mit weißen Streifen anziehen Schon gar nicht ein T-Shirt welches so verwaschen war dass Draco die Buchstaben nicht mehr entziffern konnte War das so gewollt oder war das Shirt wirklich so alt Draco hoffte auf ersteres Er hatte Sex mit dem Kerl der seine Kleider länger als ein halbes Jahr trug Vielleicht sollte er ihn mal in lauge tunken hatte er Harry berichtigt Wir haben nur das Original Der Fernseher Draco hatte nicht bleiben wollen aber er hatte nach dem Abendessen auf Toilette gemusst Als er wieder herunter gekommen war war die Flimmerkiste gelaufen und er war gegen seinen Willen fasziniert gewesen und nun verbrachte er in wunderbar unregelmäßigen Abständen die Abende und die Nächte bei Harry und in dessen Bett Allerdings würde er sich lieber die Zunge abbeißen sie wieder annähen sie wieder abschneiden lassen die Stimmbänder von einem verwandelten Wehrwolf aus seinen Hals operieren lassen sich den Mund mit Salz säure ausspielen und zu guter Letzt noch die Lippen zusammennähen lassen als zuzugeben dass es ihm gefiel dass ihm das alles gefiel das gemeinsame ruhige Frühstück bei welchem sie nie viel redeten und das spontane Mittagessen wenn Harry ihn abfing die gemeinsamen Abende an dem Montag nachdem sie miteinander geschlafen hatten hatte Draco abends unangekündigt bei Harry auf der Matte gestanden in der Hand einen wirklich teuren und exzellenten Wein Harry hatte ihn verblüfft angestarrt und Draco hatte ihm nur die Flasche in die Hand gedrückt Das ist ein richtiger Wein Ich muss dir langsam mal Geschmack beibringen Immerhin willst wir unsere seltsame Art der Freundschaft aufrecht erhalten Damit war er in ihm vorbeigegangen und hatte sich auf seinen Platz gesetzt Dann hatten sie zusammengesessen den Wein ausgetrunken den kleinen Menschen in dem Kasten zugesehen wie sie sich gegenseitig mit Muggelwaffen umgebracht hatten und waren dann in Harrys Bett gelandet Wie gesagt war er auch nur ein Mann und wenn Harry mal ein wenig länger aushielt denn Übung machte den Meister wird es wahrscheinlich auch irgendwann so gut sein dass Harry nicht mehr mit der Hand nachhelfen musste Harry holte Draco zum Mittagessen ab wenn er Zeit hatte Draco kam bei Harry vorbei wenn ihm der Sinn danach stand Es war angenehm Keine Verpflichtungen Keine Beziehung Keine Liebeschwüre Keine Küsse außerhalb des Schlafzimmers Einfach nur ein schweigsames Frühstück Ab und an ein gemeinsames Mittagessen und Wein und Abendessen bei Harry Draco hatte keine Wechselsachen bei Harry liegen Er hatte seine Zahnbürste nicht dabei wenn er abends kam Meist ging er wenn die Filme zu Ende waren welche sie sich zusammen angesehen hatten Dreimal war er geblieben Dreimal waren sie in Harrys Bett gelandet Dreimal hatten sie Sex gehabt Dreimal war Harry zu früh gekommen Dreimal hatte er es mit der Hand bei Draco zu Ende gebracht Dreimal wollte er dann aufstehen und gehen Dreimal war er eingenickt während Harry sie zu ihm geschoben hatte Dreimal war er in den Armen des Helden eingeschlafen und dreimal war er neben Harry wach geworden meist mit einer Hand auf seiner Brust oder dem Arm während Harry neben ihm auf das Kopfkissen gesabbert hatte Teil 7 Da gehe ich nicht rein stellte Draco fest während seine teuren Schuhe in dem Schlamm versanken in welchem er und Harry standen stell dich nicht so an fick dich Potter du hast mir nie gesagt in was für einer Bruchbude die leben das sieht so wackelig aus als ob es zusammen stürzen würde ich dachte die wären rein blütig müssten die nicht ein männer haben egal da werde ich keinen fuß reinsetzen ich gehe wieder heim ich will nicht in der wiesel hölle sterben das wird von magie zusammen gehalten ich war schon oft da drin und das ist nie was passiert wie auf Befehl erschütterte eine leichte explosion das Haus ein Ziegel rutschte vom Dach und zerschellte im Garten Draco fluchte wandte sich ab und spürte wie seine Zehen langsam feucht und kalt wurden kurz bewegte er die Finger und seine Füße waren wieder trocken und mollig warm wenigstens dafür war das dämliche Gehen gut für warme Füße Draco bitte Harry blickte ihn an und seine Hand legte sich auf Dracos Arm sanft drückte er zu um seine Bitte zu unterstreichen sie sind meine Familie es ist mir sehr wichtig dass du mitkommst fick dich Potter wiederholte Draco nur ich werde mir da drin weder flöhe zecken husten schnupfen verdorbenen magen die kretze allergien ein ausschlag oder weiter kam er nicht denn Harry stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste Draco leicht auf den Mund das war das erste Mal dass sie sich nicht küssten um danach Sex zu haben es war kein Vorspiel sondern nur eine Form der Zuneigung wenn auch nur um Draco davon abzuhalten noch mehr Dinge aufzuzählen was er sich da drin nicht zu holen gedachte Harry blickte ihn an nachdem er seine Augen wieder geöffnet hatte er stand immer noch auf den Zehenspitzen und sie waren fast gleich groß er beobachtete Dracos Reaktion weg dich Potter krächzte er und küsste Harry dann noch einmal er spürte dass Harry an seinen Lippen breit grinste weil er wusste dass er gewonnen hatte dann öffnete er die Lippen und seine Zunge stupste gegen Dracos langsam lösten sie sich wieder sahen sich an und Draco spürte dass er auf verlorenen Posten stand verdammtes mutiertes gehen wenn ich da reingehe und mit deinen Lieblingswieseln Kaffee trinke und Kuchen esse und nett bist erinnerte Harry ihn an die Abmachung und nicht ganz so viele Kommentare über ihr elendiges Leben von mir gebe wie ich es sonst tue werde ich heute Abend oben sein das hatten sie so nicht vereinbart prompt lief Harry rot an Draco konnte über Sex und alles andere reden das sie im Bett trieben das hatten sie oft in Slytherin getan Blaze und er hatten sich gegenseitig von ihren Eroberungen berichtet und selten Details ausgelassen zwischen ihnen war es immer eine Art Wettbewerb gewesen immerhin waren sie die beiden heißesten Kerle aus Slytherin des ganzen Jahrgangs der ganzen Schule gewesen Harry hingegen wurde jedes Mal so verlegen wenn Draco etwas über ihre gemeinsamen Stunden in Harrys Bett sagte Er war schlicht gesagt prüde Jungfrau dachte Draco sich nur Ich weiß nicht stammelte Harry dann und trat von einem Fuß auf den anderen Wo ist dein Gryffindor Mut hin zog Draco ihn auf Weißt du wenn der der oben ist nicht zu schnell kommt dann kann das ziemlich gut sein Harry zog die Schultern hoch und senkte betreten den Blick Musst dir nicht peinlich sein Draco tatschelte Harry den Kopf was dieser mit einem kleinen Schritt nach hinten kommentierte Ich werde auch ganz zärtlich sein Ein leises Schnauben von Harry folgte und dann sah er hoch Fick dich Malfoy Draco lachte nur Er lachte erschreckend oft in Harrys Gegenwart Ich liebe dich auch Baby Doll Auf diesen Satz hin sah Harry ihn erst kurz seltsam an wandte sich dann aber ab bevor Draco nachfragen konnte ob das Baby Doll ihn wirklich so aus dem Konzept brachte Draco hatte noch ganz andere wunderbare Spitznamen für für ihn von niedlichen Häschen Namen bis zu langen komplizierten Schächtelsätzen etwas in der Art wie du heldenhafter Held meiner schlaflosen einsamen Nächte der du mein Herz zum Rasen bringst du Rächer der Unterdrückten und das war noch harmlos Harry stapfte durch den Schlamm in Richtung des Dinges in welchem einige Leute wohl auch ruhig schlafen konnten ohne Angst zu haben dass sie nicht mehr aufwachten weil das Ding um sie herum erkannte dass keine Magie der Welt es daran hindern konnte einfach zusammen zu brechen das war einfach kein Haus das war eine Ansammlung von Zimmern welche man kunterbunt mal hier und mal dahin gesetzt hatte von mir aus sagte Harry als er bemerkte dass Draco ihm nicht folgte triumphierend biss sich Draco auf die Lippe und schloss dann zu Harry oder fragte Draco Harry leise sie standen zusammen in dem engen Flur und ihnen gegenüber Papa und Mama Wiesel sowie die Ratte ähm Draco wollte am liebsten wieder umdrehen und gehen oder Harry eine verpassen oder einen Schlaganfall bekommen genauso wie Papa Wiesel gleich einen bekommen würde aber das war keine gute Idee wenn sie jetzt beide gleichzeitig zusammenbrechen würden dann würden sie zuerst dem Wiesel Oberhaupt helfen am Ende überlebte Draco seinen ersten Schlaganfall nicht und wegen der Karottenköpfe zu sterben passte ihm einfach nicht in den Kram als erstes löste sich die Wiesel Mama aus ihrer Starre Harry mein lieber sie zog ihn in eine Umarmung ließ aber Draco nicht aus den Augen sie starrte ihn an als ob ihm gleich noch ein Kopf sprießen und er dann feuerspein durch die Bruchbude rennen würde und am besten noch ein kleines Kind verspeisen würde gab es nicht bei jedem Monster in der Nähe ein kleines Kind das besagtes Untier sich dann in den Drachen stopfte Harry erwiderte die Umarmung Hallo Molly tut mir leid wir sind ein wenig zu spät aber das macht doch nichts du siehst dünn aus isst du auch genug Draco sah das Lächeln nicht aber er wusste dass er die Mama der Ratten anstrahlte ja Molly ich esse genug dann wandte er sich dem Papa der Ratten zu sie schüttelten kurz die Hände alles Gute zum Geburtstag und vielen Dank für die Einladung ist doch selbstverständlich ich freue mich sehr dass du es einrichten konntest ihr es einrichten konntet verbesserte er sich dann und fixierte dann wieder den Todesser in seiner Diele ach ja ich habe Draco mitgebracht ist das in Ordnung tut mir leid hat sich irgendwie kurzfristig ergeben Draco musste das schnauben das husten und den gleichzeitig aufkommenden Lachanfall unterdrücken kurzfristig war gut Harry hatte ihn genötigt hierher mitzukommen seit Tagen bearbeitete er ihn bis Draco schließlich entnervt zugestimmt hatte vor allem das Argument dass sie es dann alle wussten und nicht nur häppchenweise mitbekommen würden hatte es Draco angetan genauso wie das schlagkräftige Argument dass es Kaffee und Kuchen geben würde Schwachsinn er würde es niemals vor jemanden zugeben er war hier weil er hoffte Fleur wieder zu sehen und vielleicht auch um als Harrys Partner aufzutreten dass er nie wieder die Kröter an seiner Seite sehen musste oder gar halbnackt auf Harrys Couch aber auch nur vielleicht das war aber nicht sein Hauptanliegen er war wegen Fleur hier Harry und die Kröte waren ihm egal aber wenn er schon gleich mehrere Fliegen mit der Klappe schlagen konnte war das doch perfekt ein weiterer Grund war dem Schlammblut den Hals umzudrehen er hatte sich die Schublade genauer angesehen als Harry im Bad gewesen war und hatte sie danach Geschmacksrichtungen Kondome auch in Massen und verschiedene andere Dinge die er gar nicht so genau erkennen gewollt hatte er hatte tief durch geatmet das Gleitgel mit spitzen Fingern aus der Schublade genommen und dann mit einem Brandzauber den Inhalt vernichtet genauso wie die Bücher er würde nichts an seinen Hintern oder seinen Körper kommen lassen dass das Schlammblut ausgesucht hatte bemerkt hatte es Harry auf jeden Fall aber nicht nachgefragt als sie sich das nächste Mal durch die Laken gewälzt hatten hatte Draco gesehen dass Harry sich die Bücher neu gekauft hatte aber dieses Mal waren keine rosa Klebezettel daran er hatte es sich selber verboten in die Schublade zu sehen er wollte es für sein eigenes Seelenheil einfach nicht wissen ob Harry auch die Sexspielzeuge ersetzt hatte die Nervosität stand Harry ins Gesicht geschrieben als er sich zu Draco umdrehte und ihn anlächelte alle drei Wiesel starrten ihn an wie ein Fremdkörper aber das war er ja auch in seinem schwarzen Anzug und dem blonden Haar passte er einfach nicht in die ausgetretene Diele und auf den zerschlüssenen Teppich Die rote Linie welche sie in zwei Klassen spaltete konnte er praktisch zwischen ihnen sehen Die einen aus dem Vogel Orden und er der besiegte geschlagene Todesser Sie waren arm hatten aber eine Gemeinschaft in welche Draco einfach nicht gehörte Draco war stinkreich und hatte alles was er sich jemals wünschen könnte Ironischer Weise bemerkte er erst jetzt dass Harry nicht auf der Macht und des Ansehens stand sondern sich perfekt zwischen den zerschlissenen Wieseln eingliederte Der Kloß in seinem Hals machte ihm vor Unwohlsein das Atmen schwer und er wollte jetzt wirklich fliehen zurück in den Sumpf und dann operieren Ich sagte er leise und machte einen kleinen Schritt zurück Seine eigene Verletztheit konnte er mit den Händen greifen wenn er sich anstrengen würde Er und er in sein ruhiges riesiges Männer Er hätte echt nicht hierher kommen sollen Was hatte er sich nur dabei gedacht Immerhin hatte er auf der falschen Seite gekämpft Seine Seite war schuld daran dass diese Familie einen Sohn verloren hatte Hatte er wirklich auch nur eine Sekunde lang geglaubt dass nach drei Jahren auch nur ein Grasheim über die Sache gewachsen war Dass sie ihn nicht sofort würden denn sie waren ja die guten würde er diese Blicke auf keinen Fall den ganzen Nachmittag ertragen können die Mischung aus Verachtung Wut Hass und Verblüffung Nicht mal Harrys Hintern war die Sache wert Teil 8 Dann reagierte auf einmal die Mama als er sich gerade abwenden wollte um wieder zu gehen Mr. Malfoy Sie atmete tief durch und zwang sich zu einem Lächeln Wir hatten nicht gerechnet dass Harry jemand mitbringt Er entschuldigte sie sich für ihr Verhalten und überbrückte die Distanz zwischen ihnen Ja natürlich war sie überrascht dass Harry jemand mitbrachte Sie wunderte sich gar nicht darüber dass Harry mit einem Malfoy Todesser und Wieler in dem klapprigen Ding auftauchte das sie ihr Zuhause nannte Sie übertrat die Linie zwischen ihnen indem sie Draco die Hand hinhielt Es fühlte sich an als ob sich in seiner Luftröhre gerade ein Knoten bildete und diesmal war es nicht weil er sich unwohl fühlte Ihr Blick wurde weich Mein Beileid zu dem Tod ihres Vaters sagte sie dann leiser Dueco fühlte sich im Zugzwang War es nun nicht an ihm sein Mitgefühl zu dem Tod ihres Sohnes auszudrücken Ich dass ihr Sohn in der Schlacht und dann passierte etwas mit dem er nicht gerechnet hatte Sie lächelte ihn an und ihr ganzes Gesicht verzog sich sodass sie aussah wie ein Kissen voller Falten Lassen Sie es gut sein Mr. Malfoy Sie standen auf der falschen Seite Ich habe gehört was sie damals für Hermine Ron und Harry Männer getan haben und sie haben nicht den Zauberstab gegen meinen Sohn geführt Um genau zu sein hatte Draco gegen niemanden den Zauberstab geführt Er war sogar von seinen eigenen Leuten angegriffen worden Nun trat auch der Papa in Bewegung und kam auf Draco zu Sie schüttelten sich die Hände und Draco reichte ihm die Flasche Wein und eine kleine Schachtel mit einer roten Schleife die von Harry mit einem Stirnrunzeln betrachtet wurde Hatte er wirklich geglaubt er ginge nur mit einer popeligen Flasche Wein auf einen Geburtstag selbst wenn es der Ehrentag eines der Wiesel war und zivilisierter Bergtroll Auch die Ratte kam jetzt auf ihn zu Malfoy Aber im Gegensatz zu seinen Eltern reichte er ihm nicht die Hand Weasley Sie maßen sich gegenseitig mit Blicken Ratte schien zu überlegen ob er ihn nicht doch lieber rausschmeißen sollte er konnte ihn fast denken hören dann sah er zu Harry blickte dann wieder auf den Boden zu seinen besorgten Füßen und starrte dann Draco wieder hasserfüllt an das ist Malfoy der hat hier nichts zu suchen aber Harry er ist an den Scheißkerl gebunden und er würde nicht zulassen dass ich ihn rausschmeiße aber es ist Malfoy oder so ähnlich vielleicht die Schüssel mit der Sahne aus verdammt Malfoy ist da ich muss auch noch mit dem und nicht nur mit meinen Wiesel geschwistern teilen dann unterbrach die Wiesel mama ihren stillen wettkampf und schob Draco vor sich her ins wohnzimmer die kleine dicke frau hatte eine erstaunliche kraft dafür dass sie naja klein und dick war ich muss mal sehen ob wir noch einen Stuhlinien einquetschen können George hol mal bitte einen Stuhl runter wird alles ein wenig eng sie ignorierte die blicke der anderen Wiesel und gäste die einzige die von einem bis zum anderen ohr strahlte war Fleur die sich von ihrem Mann löste und auf ihn zugeschwebt kam Draco ich freue mich sehr dich wieder zu sehen sie hauchte ihm jeweils einen Kuss auf die Wangen und zwinkerte ihm zu dann zog sie sich wieder zurück und Draco sah sich sehr vielen Wieseln gegenüber zu viele Wiesel deren Namen er sich nie gemerkt hatte Wiesel Fleur Wiesel Wiesel Zwillings Wiesel Gryffindor Freundin Schlammblut und Kröte plus dem Papa Wiesel der Ratte in seinem Rücken Harry und der Mama welche in der Küche wuselte selbst das Schlammblut gaffte ihn an Merlin jetzt wurde sie sogar rot und sah weg Wahrscheinlich dachte sie gerade daran dass sie Harry die Plugs zugeschickt hatte und jetzt stellte sie sich vor wie sie sie benutzten Draco ließ nicht zu dass er ebenfalls sie rötete so weit würde es nicht kommen ob er sich selber mit einem Fluch belegen könnte er könnte sich ja selber mit einem Mavada Kedavra umbringen die Finger leicht bewegen ein grüner Blitz und das wäre es dann gewesen was wenn es fehl schlug würden sie ihn dann auch nach Asgaban verfrachten immerhin war es ein unverzeihlicher Harry trat hinter ihm ein und nun holten sie alle leise Luft als ob sie es einstudiert hätten Draco musste Harry später noch mal fragen ob er es ihnen wirklich nicht gesagt hatte immerhin hatte er es gerade simultan klick machen gehört das Zwillingswiesel fand als erstes seine Sprache wieder warum bekommt eigentlich mein Bruder und Harry eine heiße Wieler ab und ich habe dich an der Backe fragte er charmant seine Gryffonder Freundin sie wandte den Blick von Draco ab dessen Hände sich kurz verkrampft hatten er konnte ihre Erwiderung nicht verstehen denn Schlammblut erhob sich und reichte Draco die Hand kurz rechnete er sich die Chancen aus sie angewidert nicht anzufassen aber er sah sich praktisch schon geschockt verflucht gefesselt und geknebelt auf dem Boden liegen wahrscheinlich auch noch mit dem einen oder anderen Verunkel im Gesicht also schluckte er die Galle runter und schüttelte ihr kurz die Hand Malfoy sagte sie freundlich Granger Draco versuchte sich nichts anmerken zu lassen zog dann die Hand so schnell es ging zurück als sie sich Harry zuwandte wischte er seine Hand kurz an der Hose ab warum besaß er eigentlich keinen Flachmann voll mit Lauge um die Zellen des Schlammbluts von seiner Haut zu erzten er musste sich ganz dringend einen ganzen Eimer auf Vorrat davon zulegen eine Hand legte sich kurz auf seinen Rücken und er spürte Harrys Wärme durch den Stoff seines Anzuges er würde ihn umbringen sobald sie hier wieder draußen waren und einen Platz wusste er auch schon für seine verdammte Leiche von einem Tier Präparator würde er ihn ausstopfen lassen und ihn dann als Türstopper benutzen langsam kamen sie alle auf Harry zu und begrüßten ihn dann wandten sich alle wirklich alle zu Draco und schütteten ihm kurz die Hand selbst wenn das Misstrauen nicht aus ihrem Blick verschwand auch wenn er den Eindruck hatte dass ihm das Wiesel mit den furchtbaren Ohrring und Kröte am liebsten die Hand brechen würde so fest wie sie zudrückten am meisten aber überraschte ihn Fleurs Wiesel Mann er lächelte ihn sogar an legte seine linke Hand auf ihre verschränkten Hände und sagte dann schlicht aber sehr leise zu ihm Willkommen in der Familie So rief die Mama aus der Küche und scheuchte sie dann alle an den langen Esstisch Draco bekam einen Platz zwischen Harry und Fleur was ihn erleichtert aufatmen ließ nur stieß er diesen Atem ziemlich schnell wieder aus als er sah dass sich die Kröte vor sie setzte und Harry ziemlich intensiv anstarrte was Draco dazu brachte dass er kurz seine Serviette entzündete und zufrieden sah wie die Kröte ihn anfunkelte während er mit einer Hand den kleinen Brand löschte jetzt wusste sie auch wer ihr Kleid ruiniert hatte Harry lud ihm ein Stück Kuchen auf während er aufgeregt mit seiner liebsten Ratte zu reden begann und Draco streckte die Hand aus und sprach einen Reinigungszauber auf das Geschirr und sein Besteck dann machte er dasselbe mit Harry erst dann musterte er den Kuchen und versuchte ein winziges Stückchen um es runter zu würgen falls es widerlich sein sollte er wollte nicht auch noch den Hass der Wiesel auf sie ziehen wenn er es wieder ausspucken musste aber zu seiner grenzenlosen Verblüffung war es sogar ziemlich gut selbst der Kaffee schmeckte eigentlich ganz gut auch wenn man bei Kaffee nicht viel falsch machen konnte Dracos Meinung nach gut er hatte noch nie welchen gekocht aber man sollte die Wiesel ja nicht zu sehr loben Fleur beachtete ihn immer wieder sprach ihn aber nicht an aber Draco musste sich eingestehen dass es ihn unheimlich beruhigte dass sie so nah bei ihm saß und ihre Schultern sich berührten er ihre und Harrys Wärme spüren konnte auch wenn ihr Mann obwohl der Draco in der Familie willkommen gehießen hatte ihn meistens anstarrte als ob er sich zu gerne auf ihn stürzen wollte um ihn von seiner Frau weg zu stoßen die Partner von Vilas konnten ziemlich anstrengend sein bestes Beispiel saß neben ihm und stoppte sich mit Kuchen und lobte diesen gerade bei der Wiesel Mama alles brabbelte aufgeregt durcheinander Harry beteiligte sich rege an den Gesprächen er kundigte sich bei dem einen Wiesel nach seinen Drachen und verabredete sich mit dem anderen zum Mittagessen im Ministerium Draco hielt sich raus wurde nicht angesprochen höchstens ab und an mal gemustert ob er nicht doch zu einem ungetimutierte und versuchte sich lieber nicht zu genau umzusehen schon gar nicht an die Decke zu sehen welche wirklich jederzeit auf ihn runterkommen könnte Teil 9 Es lief wirklich alles gut bis eine Eule durch das offene Fenster flog laut kreischte mit ihrer wirklich erstaunlich weiten Flügelspannweite durch die Luft schlug und dann versuchte auf dem Tisch zu landen Das Geschirr ging zu Draco hatte früher oder später eigentlich mit nichts anderem gerechnet Immerhin war das hier die Wiesel Hölle Aber was ihn überraschte war Harrys Arm um seiner Schulter Er hatte ihn sobald das gemeingefährliche Tier beschlossen hatte im Kuchen Baden zu gehen näher zu sich gezogen und seine rechte Hand und sein Arm schützend vor ihn gehoben Die Eule kreischte nochmal und rappelte sich auf Sie schlug mit den Flügeln bespritzte alle Anwesenden mit Kuchen und Sahne ehe sie sie anlegte und dann das Bein ausstreckte dabei mit der anderen Kralle noch immer in den Überrasten des Erdbeerkuchens stehend als sei nichts passiert Harry senkte seine schützende Hand wieder und musterte Draco kurz besorgt dann zog er seinen Zauberstab ebenso wie die anderen und Von überall kamen die Stückchen geflogen und nach einigen Augenblicken sah er wieder aus wie zuvor Nur dass Draco schlecht war Keinen Bissen würde er mehr davon zu sich nehmen Er hatte nämlich gesehen wo einige Stücke davor gewesen waren und die welche vom Boden zurück in die Form geflogen waren waren noch die harmlosesten Lieber würde er neben dem Kamin verrecken als etwas zu essen was aus den Das Zwillingswiesel schnippste seinen Löffel gegen Harrys Kopf als alles wieder aussah wie zuvor bevor die Eule sich entschieden hatte dass das Kuchen Essen gequescht werden musste die Gespräche wurden wieder aufgenommen und die Eule aus dem Zimmer getragen Draco hoffte sehr dass sie das Vieh raus nahm und in einem Tümpel ertränkten Harry rieb sie fluchend die Stelle und starrte das Zwillingswiesel wütend an Autsch was soll das Das Zwillingswiesel grinste nur breit Du hättest dich mal sehen sollen Du und Bill habt eure blonden Schönheiten exakt gleich vor der großen bösen Eule beschützt Er zog seine Griff und Freundin zwecks Demonstrationszwecken zu sich und zog dann ihren Kopf beschützend gegen seine Brust bis sie zappelte und sich aus seinem Griff wand Harry lachte nur und schüttelte dann leicht den Kopf Er ging nicht darauf ein aber der Wiesel Bruder sprang darauf an Angelina du tust mir wirklich leid dass mein Bruder dich nicht beschützen kann George reddet lieber seinen eigenen Arsch Er war der Erste der unter Tisch saß Wir sind eben noch richtige Männer Er grinste Harry zu der es erwiderte Was sollte das Das hörte sich an als ob Draco sich nicht selber vor der Eule schützen konnte Seine Augen verengten sich zu schlützen Er starrte das Zwillingswiesel böse an und erstarrte als sich das Rot seine Haare langsam in ein hübsches Rosa verwandelte Draco rief Harry mahnend aus begann aber zu lachen als dem Zwillingswiesel gleichzeitig lange weiße Hasenohren und Schnur Haare wuchsen Hör auf Ich bin das nicht widersprach Draco verdutzt dann sah er zu Fleur Sie hatte ein breites Lächeln auf den Lippen die Hand erhoben und bewegte langsam die Finger Ich denke dass wir uns beide gut alleine verteidigen können Sie blickte Draco an und zwinkerte ihm zu während das Zwillingswiesel sich verwirrt durch das Haar fuhr und an den langen Ohren zog Draco erwiderte Fleurs Lächeln und beugte dann selber unter dem Tisch die Finger Aus dem Mund des Zwillingswiesels sprossen zwei vier Zentimeter lange Zähne Erst als er diese sah dachte er an Hermine welche er damals auch lange Zähne gehext hatte aber diese lachte nur so wie der Rast am Tisch Mach das weg schimpfte der Zwillingswiesel und kicherte aber selber ehe er stockte und einen eigenartigen Glanz in den Tasche und begann darin etwas zu notieren während der ganze Tisch aufstöhnte Dweco verstand nicht ganz aber die Unterhaltungen wurden wieder aufgenommen während Fleur ihn wieder zurück verwandelte auch wenn sie ihm eine knallrosa Strähne ließ das Zwillingswiesel betrachtete sie interessiert grinste hob den Daumen und vertiefte sich dann wieder in sein Buch Dweco hatte den Eindruck dass Fleur und er sich wohl auch wenn er auf weiteren Kuchen verzichtete zufrieden so weit er das zwischen den Mitgliedern des Vogelordens seiden konnte lehnte er sich ein wenig zurück und musterte die Wieselbande zwischen den ganzen dunklen beziehungsweise roten Haarfarben stach er wirklich aus der Masse hervor auch wenn Fleur ihm die Show stahl sie sah einfach hinreißend aus in ihrem blauen Oberteil und der einfachen Jeans ihr standen sogar die Muggelsachen ausgezeichnet kein Wunder dass ihr Wieselmann so besorgt um sie war ein Bein schob sich gegen Dracos und bewegte sich dann hoch und runter kurz blickte Draco zu Harry der sich aber angeregt mit dem Schlammblut unterhielt entnervt schloss er die Augen bis eben war es doch noch so angenehm gewesen er sah zu der sich nochmals die Mundwinkel ab mit einer Servierte die er sich selber beschworen hatte beugte sich dann vor und sagte könntest du bitte damit aufhören es macht mich ganz wuschig und ich würde heute Nacht gerne mal wieder in meinem eigenen Bett schlafen der Kopf der Kröte rückte herum und der Fuß von seinem Bein verschwand Draco lächelte sie freundlich an aber er wusste sehr genau was er gesagt hatte Kröte kniff die Augen zusammen und musterte Draco voller Abscheu Dracos lächeln wurde noch breiter und er beugte sich dann ein Stückchen weiter vor gerade wollte er ihr sagen dass sie sich jemand anderen zum stalken suchen sollte als sich das Papa Wiesel räusperte er begann die Geschenke auszupacken es war alles mögliche darunter von selbst gestrickten murmelte Draco Harry leise zu seine Lippen berührten fast Harrys Ohr und er sah wie Kröte die Arme vor ihrer nicht vorhandenen Brust verschränkte Draco verbiss sich ein Grinsen und legte Harry noch eine Hand auf die Schulter was die Kröte damit kommentierte dass sie schnaubend den Blick von ihn abwandte was fragte Harry nach und blickte zu Draco das Muggelzeug wirklich jetzt ein lachen von Harry dann legte er seine Hand auf die von Draco die noch eben auf seiner Schulter lag Kröte wurde knallrot und dann kalk weiß selbst wenn sie die beiden nicht direkt ansah Kugelschreiber sind wirklich praktisch man muss sie nicht ständig in Tinte eintauchen zudem haben Hermine und ich noch was er wurde unterbrochen als Wiesel Papa Dracos Nam sagte sie stoben auseinander was bei Fleur ein Kichern auslöste und bei der Ratte ein unterdrücktes Husten danke für die Nadel aber ich kann sie nicht annehmen sie ist viel zu wertvoll Draco hatte dem Wieselpapa eine Gryffindor Anstecknadel besorgt sie war aus Gold verziert mit Diamanten und Rubin Draco spürte die Blicke auf sich er straffte die Schultern ich und da ich mir ziemlich sicher bin dass kein Malfoy je nach Gryffindor kommen wird dachte ich mir dass sie bei ihnen besser aufgehoben ist als eingestaubt in einem Schrank zu liegen oder besser gesagt mit ihm starb die Linie der Malfoys aus sein Vater würde sich im Grabe umdrehen wenn er das wüsste er war der letzte seiner Linie und da er an einen Mann gebunden war Wieselpapa sah unschlüssig aus und musterte das teure Schmuckstück mit einem Löwen der sich ab und an leicht bewegte Draco sah sich im Zugzwang ich wusste nicht dass sie kostbar ist ich sah sie nur und dachte mir dass es ein nettes Geschenk wäre bitte behalten sie sie bei mir verstaubt sie nur sprach er weiter Wieselpapa nickte langsam Danke sagte er dann und betrachtete das kunstvolle Stück Schmiedekunst Schlammblut räusperte sich ähm Arthur wir haben draußen noch eine Überraschung für dich von Harry und mir wir dachten uns du könntest vielleicht ein Rasenmäher gut oh wow stieß er entzückt hervor und stürzte schon gefolgt von den restlichen Gästen nach draußen auch Draco erhob sich aber Harry hielt ihn am Arm fest niemals wird in euren Vitrinen eine Gryffindornade liegen ihr hättet sie eingeschmolzen und dann mit einem Fluch aus der Welt geschafft auf diese Aussage hin legte Draco nur den Kopf minimal nach rechts so wie es Harry immer machte wenn er auf eine Frage oder Aussage von Draco nicht antwortete Harry stellte sich näher vor ihn und musterte ihn aufmerksam du bist eine hinterhältige kleine Schlange Malfoy dabei lächelte zu diensten Babydoll neckte er Harry zufrieden Teil 10 Draco stand allein unter einem kahlen Baum dessen Äste einen kleinen Halbkreis bildeten unter dem kein Schnee lag beide Hände hatte er in seinen Taschen vergraben und sah Wieselpapa Harry und im Schlammblut dabei zu wie sie an dem Muggelding herum schraubten und mit einer stinkenden Flüssigkeit hantierten die anderen standen in einem lockeren Halbkreis darum herum und lachten ausgelassen Die Maschine qualmte und dampfte Zudem war sie ziemlich laut und stank Er hatte die Flucht ergriffen als sie das Teil zum Leben erweckt hatten Wusste er ob die Muggel nicht so waren wie Lombottom und alles in die Luft jagten was mit ihren Fingern nicht in Berührung kam Draco blickte von der Zähne weg als er sah dass Harry seinen Blick suchte Er lehnte sich zurück gegen den Baumstamm stützte einen Fuß gegen den Stamm und blickte in den Himmel Die Sonne schien hinter einigen kleinen Quell wollen und es blies ein leichter aber kein arktischer Wind wie in den letzten Tagen Kurz schloss Draco die Augen Es würde noch Abendessen geben was die Wiesel Mama gerade vorbereitete und er hoffte wirklich dass sie ihre Gnome weder zur Schnapsgewinnung gebrauchten noch in ihre Eintöpfe warf obwohl es in diesem Garten nur so davon wimmelte bei Merlin am Ende hielten sie sie wirklich um die winzigen Kreaturen in ihre Kochtöpfe zu werfen sie waren doch so arm da aß man doch alles was nicht bei drei auf den Bäumen war genauso wie die Hühner sicher nicht lange überlebten welche durch den Garten wackelten und mit ihren Klauen im Schnee kratzten er würde Harry später fragen müssen was genau die Wiesel Mama ihn da kochen wollte kurz sah er sich um sah dass Harry ihn immer noch anblickte ehe er von der Ratte angestoßen wurde und er etwas zu ihm sagte dafür bemerkte er Fleur welche sich in einen langen Mantel gewickelt hatte und langsam und vorsichtig auf Draco zukam in jeder Hand eine dampfende ungleiche Tasse sie blieb bei ihm stehen und reichte ihm die größte Draco blickte in die braune Flüssigkeit runzelte die Stirn bis er den Kakao erkannte sein Vater hatte das verabscheut es als Muggel Getränk betitelt und Draco hatte es nur in Hogwarts getrunken bis und was der Feintrank durfte er nicht trinken Warte sagte Fleur streckte die Hand aus und bewegte leicht die Finger Auf dem Kakao erschien Sahne aus dem Nichts welche mit silbernen und grünen Streifen versehen war sie grinste ihn an und Draco erwiderte es mit einem Lachen sie war die erste die ihn seit Jahren wieder zum Lachen brachte abgesehen von Harry Das waren doch deine Aus Waben oder fragte sie nach und Draco nickte Fleur nahm seufzend einen tiefen Schluck aus ihrer Tasse Draco schmunzelte hob die Hand und strich Fleur langsam über die Oberlippe um die Sahne zu entfernen welche sich dort nach einem tiefen Schluck gesammelt hatte Es hatte nichts erotisches und sie grinste nur noch breiter stellte sich näher zu ihm und er spürte die Hitze ihres Körpers und des Wärmezaubers welcher nun auch auf ihn überging Es war so normal Es war kein esoterischer Kram von wegen Seelenverwandte Sie waren einfach zwei Zauberer die genau wussten was man mit der Genmutation in sich durchmachen musste Auch wenn bei Draco das dunkle Mal erschwerend hinzukam Draco war sich sicher wenn sie richtig miteinander sprechen würden dann Besonders da viele seine Ansichten die Wiesel mit inbegriffen Und sie war ein Wiesel Aber Draco verzieh es ihr Sie konnte nicht anders Sie war genauso in ihrer G-Mutation gefangen wie er Sie konnte nichts für ihren Partner Genauso wenig wie er etwas dafür konnte Dass er die Nächte in Harrys Bett verbrachte Draco nahm einen Schluck spürte wie wunderbar warm seine Finger wurden und sah über den Tassenrand zu der kleinen Gesellschaft hinüber Harry hatte ihnen den Rücken zugewandt und beobachtete wie der Wiesel Papa auf dem kleinen Gerät saß und damit begeistert einige Runden auf dem Rasen drehte während das Teil schwarzen Rauch ausspuckte und alle eiligst einen Schritt zurück machten um den zweifelhaften Fahrkünsten des Papas aus dem Weg zu gehen Sie standen einfach nur ruhig nebeneinander und beobachten die Wiese bis sich ihr Mann aus der Menge löste und auf sie zugestrebt kam Er legte Fleur einen Arm um und sie lehnte sich gegen seine Schulter Draco machte rasch einen Schritt zur Seite Auch wenn er Fleur mochte so wollte er doch nicht daneben stehen wenn sie ihm die Zunge in den Hals steckte Sie hatte so viel besseres als ein Werwolf verdient und er immer war Harry Potter als Partner oder ein Werwolf Harry schnitt da wohl besser ab aber nur minimal Wir wollen noch eine Runde Quidditch spielen wenn wir schon einmal so viele Spiele auf einen Haufen haben Draco reagierte nicht trank sein Kakao und beschloss wenn er sich umbringen würde wenn Harry ihn mal wieder so sehr zu Weißglut brachte dass er keinen anderen Ausweg mehr sah dann würde er das in Kakao tun er beobachtete einen Gnom und fragte sich ob er ihn fangen und der Mama in der Küche bringen sollte dass sie diesen auch noch ausnehmen konnte kurz stockte er und starrte in seine Tasse aus was machte man eigentlich Kakao doch er wurde aus seinen Gedanken gerissen als das Wieselin ansprach Malfoy hast du Lust Draco drehte sich verdutzt um er hatte nicht auch nur im entferntesten damit gerechnet dass er auch gefragt wurde aber war das sein ernst lud er ihn wirklich zu einer Partie Quidditch ein er sollte mit anderen Gryffindors gegen andere Gryffindors spielen er müsste mit anderen Gryffindors zusammen arbeiten ohne seine Hauskameraden wahrscheinlich auch noch fair spielen er nichts würde er lieber tun er war nicht mal gekränkt als das Wiesel Fleur gefragt hatte ihm war eigentlich klar gewesen dass sie ihn nicht dabei haben wollten nicht an den Spielfeldrand gedrängt zu werden sondern wie ein Teil der Familie mitspielen zu dürfen machte ihn glücklich so schnell er konnte verbrannte er sich die Zungenspitze an dem Kakao um dieses Gefühl zu unterdrücken super das Ehemann Wiesel schien sich wirklich zu freuen äh du hast doch einen Besen oder zwei nicht jeder hat seinen mitgebracht er sah kurz weg zu Harry Ratte Kröte und einigen Wieseln welche in einem Kreis zusammen standen und anscheinend schon dabei waren die Mannschaften zusammen zu stellen denn als Wiesel Ehemann einen Daumen hob zeigte die Ratte auf Draco und als der Wiesel Ehemann nickte verzog die Ratte das Gesicht Draco dachte nach er hatte Besen er hatte sich jeden dämlichen Besen gekauft der jemals rausgekommen war seit er frei über sein Geld entscheiden konnte und sie lagen alle sicher verwahrt in seinem Schrank er war reich einer der wenigen Vorteile ein Malfoy in der Welt zu sein die der hält ich habe so grüne Augen seht mich an und schmelzt Potter er rettet hatte warum sollte nur ein einziges Mal hatte er sich auf einen der Besen geschwungen und hatte ihn getestet es war großartig einige Runden über das Anwesen zu fliegen aber es machte nicht so viel Spaß als wenn er in einer Mannschaft spielen würde er hatte einen schalen Geschmack im Mund gehabt den Besen verstaut und die kommende nicht mal mehr ausgepackt aber die würde er sicher nicht in die Hände der Wiesel geben nicht dass er ihnen nicht zutraute sorgsam damit umzugehen aber keiner von den Wieseln konnte wirklich gut fliegen und früher oder später würden sie gegen einen Baum krachen am Ende würde Draco noch die Schuld dafür bekommen dass er die Besen manipuliert hatte Fleur beobachtete ihn und sagte dann das wäre wirklich praktisch dann kann Arthur meinen alten Besen haben Er will eigentlich nicht und er sagt dass er seinen intern nicht auf die neu örtigen Besen setzt Draco verkniff sich an Schnauben Ein Zauberer traute sich nicht auf einen magischen Besen fuhr aber begeistert wie ein Kleinkind auf einem unsicheren stinkenden Muggel gerät freudestrahlend über den Rasen über fuhr dabei alles was ihm in den Weg kam Nicht nur die Hühner und ihr Gnome die waren schnell genug weg aber Draco sah wie die eine oder andere Heilpflanze draufging welche sich nicht aus der Erde gruben und den Hühnern und Gnomen auf ihrer Flucht folgten aber was sollte er von den Wieseln auch anderes erwarten die Ratte winkte ihnen zu und Fleur und ihr Ehemann machten sich auf den Weg durch den Garten die Arme um Jemand hatte eine kleine Tafel beschworen auf welchen ihre Namen aufgelistet waren kurz runzelte Draco die Stieren sie wollten doch nicht die Plätze der einzelnen Spieler losen doch genau das schienen sie vor zu haben denn das Schlammblut hob den Zauberstab die Namen wirbelten durcheinander und Draco starrte auf die Mannschafts Ausstellung die sich ihm offenbarte hatte er Hoffnung gehabt auf der Position des Suchers zu spielen und das gegen Harry wurde er bitter enttäuscht aber wenigstens spielte er gegen Harry und nicht mit ihm in seinem Team war Wiesel Papa Sucher sie würden verlieren sie würden haushoch verlieren Hüther war eines der Wiesel kurz musterte Draco ihn er würde nicht einen Ball halten können er sah eher danach aus als ob man nicht mal einen Zauberstab halten könnte so bleich wie er war allerdings war er nicht so adelig blass wie Draco sondern so bleich als ob er den ganzen Tag hinter einem Schreibtisch sitzen und seine Nase in irgendwelchen Akten stecken würde das würde ein Spaß werden sie würden verlieren und jetzt doppelt hoch Haus Schlammblut und Zwillingswiesel waren Treiber na wenigstens konnte einer der beiden was das ihm ziemlich verlockend vor sich im warmen Kakao zu tränken er und Jäger er hatte bis jetzt immer nur auf der Position des Suchers gespielt er war groß und schlank er war für einen Jäger nicht geboren aber wenigstens schien das andere Wiesel auf Teamplay aus zu sein denn er suchte Dracos Blick und nickte ihm knapp zu Das andere Team hatte einige entscheidende Vorteile Sucher war die Gryffindor Freundin sie hatte zwar auf der Position einer Jägerin gespielt aber wenigstens hatte sie mal gespielt nicht wie der Wiesel Vater der immer noch alles um niete und jauchzend auf den Zaun zu fuhr davor wendete und langsam den Eindruck machte als ob er das Muggel Gefährt unter Kontrolle hätte Harry und Fleur waren Treiber Dweco begann Fleur wirkte so verletzlich dass er sich nicht vorstellen konnte dass sie den Schläger auch nur hoch bekam auch für Harry war das eine Fehlbesetzung doch er lachte und trieb dem verzweifelt aussehenden Schlammblut die Schulter Der Wiesel Ehemann und die Kröte spielten auf der Jäger Position und schienen beide äußerst zufrieden zu sein Dweco wandte kurz den Blick zu ihnen beiden und begegnete den Augen der Kröte welche auf ihm lagen kurz maßen sie sich mit Blicken und Draco fasste den Entschluss dass er ihr beweisen würde dass er sie auf ihrer Position schlagen würde und das um längen er hatte es nicht nötig ihr Kleid noch ein einziges Mal zu entzünden er würde sie mit fairen Mitteln schlagen faire Mittel Merlin Harry hatte einen wirklich ganz beschissenen Einfluss auf ihn aber wenn er zu kleinen Tricks griff würde Harry ihm die Hölle heiß machen und mit ihm zusammen die ganzen heiligen Gryffindors die Ratte war Hüter und grinste bis über beide Ohren kein Kommentar für etwas anderes konnte man ihn auch nicht gebrauchen hoffentlich hatte er sich die Fähigkeiten des Fangen des Quaffels nicht angeeignet indem er für Harry unbedingt zu fragen was sie essen würden nachdem das Spiel vorbei war die ersten Wiese lösten sich aus dem kleinen Kreis und das Papa Wiesel stellte gerade dieses dröhnende stinkende Muggelding ab er stieg ab und kam begeistert auf den Rest von ihnen zu er packte Harrys Hand und drückte sie tausend Dank das ist wirklich super er beugte sich verschwörerisch ein Stückchen und sagte dann leise wenn Molly weg ist dann sehe ich mir mal das Innenleben ein wenig genauer an draco verstand das nicht ganz trat aber einige Schritte zurück und rief seine elfe sie erschien vor ihm mit nackten füßen im schnee und verneigte sich vor draco dann spielte sie an ihrem handtuch herum und fragte was kann lacy für mr draco mayfair tun bring mir die beiden neuesten besen und die besten quidditch uniform seine elfe gehorchte umgehend und tauchte vor ihm mit dem gewünschten auf draco griff sich seine uniform und zögerte dann kurz er sah dass er beobachtet wurde das goldene trio starrte ihn an dass das schlamm blut noch nie eine elfe gesehen hatte war klar aber was gafften die anderen beiden warteten sie nur darauf dass draco eine dieser muggelwaffen aus dem kleiderstapel zog mit welchen diese so gerne in dem fernseher um sich schossen er schnaubte griff sich den älteren besen und sagte dann zu lacy bring den besen und die uniform zu fleur weasley passte ihr an lacy verneigte sich vor ihm und tat dann was er aufgetragen hatte hinter sich hörte er kurz ein kleines gerangel während terry und die ratte das schlammblut zurück ins haus schoben er hörte noch dass sie etwas wie schnee blfe er und handtuch sagte dann legte die ratte ihr einen arm um und zog sie mit sich die wiesel zogen sich ungeniert im wohnzimmer aus ihre kleider überall verteilt um sich dann in ihre uniform zu zwingen draco dachte nicht daran sich bei den anderen umzuziehen harry nur noch in boxershorts und einem t-shirt bekleidet blickte sich suchend nach draco um der seinen kleiderhaufen auf eine hand balancierte und sich gegen den türrahmen lehnte er sah wie harry die stirn runzelte und draco schüttete nur minimal den kopf er würde ihn weder sein dunkles mal noch die narben von harry auf seiner brust zeigen harry schien zu verstehen und egal wer ihm gerade ein wenig hirn vom himmel runter geworfen hatte draco dankte ihm harry deutete unauffällig auf eine tür welche halb offen stand wahrscheinlich das bad draco war halb durch den raum bich dabei geschickt socken hosen und pullover aus als das zwillingswiesel auf ihn aufmerksam wurde melfoy wir werden dir sicher nichts wegsehen musst dich nicht heimlich ins bad schleichen draco fluchte innerlich und wandte sich dann zu dem wiesel um welches ihn breit angrinste schon seine rote hose trug und ihn mit bloßem oberkörper angrinste draco lächelte eisig zurück und sah dann zu harry und den anderen männern die ihn verstohlen musterten verfolgen konnten super einfach nur super vielleicht würde er in das zwillingswiesel fliegen und sich mit ihm zusammen in den tod stürzen dann würde er wenigstens etwas gutes damit bezwecken und mit beruhigten gewissen sterben ich darf nicht sagte dueco dann und sein einziges lächeln verschwand er senkte scheu den kopf und blick mein her erlaubt mir nicht mich vor anderen zu entkleiden kurz war es so dass man eine stecknadelfallen hören konnte dann starrten sie alle Harry an der als sie sich alle gleichzeitig zu ihm umdrehten rot anlief und seine Brille zurück auf die Nase schob alter stieß die Ratte aus Harry wir müssen uns dringend mal unterhalten fügte das Ehemann Wiesel zweifelnd hinzu Harry blickte zu Draco der nun übertrieben breit zu grinsen begann einen Daumen in die Luft streckte und dann aus dem Raum trat es tat so gut zu spüren dass er ein Slytherin war und die anderen nur durchschnittliche Gryffindors wenn er ihnen erzählt hätte dass die anderen nicht sehen sollten dass Harry ihm das Wappen der Potters in dem bloßen Rücken gebrannt hätte dann wären sie sicher aus den Latschen gekippt und auf ihren Sonnenschein eines Helden losgegangen Teil 11 zu viel rot viel zu viel rot und gold dueco sah missmutig über die Reihe an rot tragenden Figuren und blieb dann an Fleur hängen sie sah wirklich gut aus in Slytherin grün und ihre Lippen formten ein danke für den Besen den sie in der Hand hielt dueco erwiderte es mit einem leichten angedeuteten nicken sie standen in einem lockeren Kreis und zupfte die ganze Zeit an ihrem Oberteil herum wenn sie nicht von ihrem Besen rutschen würde sobald sie sich vom Boden abstieß wusste Draco auch nicht sie stiegen auf ihre Besen nahmen ihre ungewohnten Positionen in der Luft ein und Wieselpapa öffnete die Holzkiste auf dem Boden mit einem Zauber die Klatscher schossen davon und Draco folgte mit Blicken dem kleinen goldenen Ball der vor ihnen in die Luft stieg und es juckte ihn in den Fingern sich auf ihn zu stürzen und ihm zu folgen kurz suchte er Harry der einige Meter von ihm entfernt auf seinem Besen schwebte er sah nichts zu Draco sondern folgte dem goldenen Ball mit flinken Augen vielleicht war das etwas worauf sie aufbauen könnten ihre gemeinsame Freude an diesem Spiel als sei bloß nicht schüchtern wir werden Ron in die Verzweiflung treiben sagte sein Jäger Kollege zu Draco Draco begann zu grinsen und sein Blick ging über das Feld zu den drei Ringen welche magisch in der Luft hing aber immer doch gab Draco zurück sie beuten sich über ihre Besen und das Spiel begann Draco hatte sie alle richtig eingeschätzt Schlammlut schaffte es ständig sich in der Luft über das Spiel unter ihn hielten nicht mal nach dem Schnatz Ausschau wahrscheinlich würden sie ihm zuwinken wenn er langsam an ihn vorbeifliegen würde der Hüter aus seiner Mannschaft war eine Null wenn er mal in die richtige Richtung sah wenn die Kröte oder Wiesel Ehemann auf ihn zuflogen war das schon eine Leistung die Ratte war ziemlich gut aber sein Kollege und er waren kein schlechtes Team Jetzt schlag doch mal drauf hörte er die aufgebrachte Stimme der Kröte nach einiger Zeit Draco blickte zurück sah den Klatsch Alarm auf ihn zutreiben er duckte sich darunter hinweg und warf den Quaffel seinem Kollegen zu kurz gönnte er sich noch einen Blick und sah die Kröte nah bei Harry schweben und aufgebracht in seine Richtung artikulieren hatte also doch einen Vorteil wenn Harry drei bei der gegnerischen Mannschaft war auf den Ohrring schlug er die Klatscher nicht sonderlich genau dafür aber mit Schmackes schien der Kröte gar nicht zu gefallen dass Harry ihm nicht absichtlich wehtun wollte Fleur hatte sich inzwischen abgesetzt hing mit dem Wiesel Papa und der Griff und der Freundin in der Luft und sah ihnen zu geschickt fing er den Quaffel von dem Wiesel mit dem Ohrring und punktete als er an der Ratte vorbeizielte und den Ball durch das Tor warf er hörte den Gong blickte kurz auf die magische Anzeigetafel und grinste als er sah dass sein Team in Führung lag kurz spähte er zu den vier Zauberern denn auch das Schlammblut hatte aufgegeben die auf den Besen ihm der Ohrring zu und grinste Dweco konnte das nicht so zurückgeben nickte ihm zu und sagte dann zu Güte du könntest auch schlechter sein Dweco lenkte seinen Besen tiefer ließ sich fallen und schnitt der Kröte den Weg zu ihren anvisierten Ringen ab er beugte sich über seinen Besen riss ihr den Quaffel aus den Fingern hörte einige anerkennende Rufe und jagte über das Feld er hatte von den Jägern beider Mannschaften den schnellsten und neuesten Besen von Harry hatte er nichts zu befürchten so sah er sich nicht um und punktete wieder er riss den Arm in die Höhe und wurde von dem Ohrring abgeklatscht verdammt wann hatte er das letzte Mal so einen Spaß gehabt gut wenn es seine Freunde wären oder wenigstens einige Slytherin wäre es um einiges besser aber das hier war nicht schlecht vor allem wenn er das Gesicht der Kröte sah wie sie ihn anfunkelte Dweco hing in der Luft und beobachtete die Kröte wie sie ein Duell mit dem Ohrring hatte sie war kleiner und wendiger als ihr Bruder und hatte einen schnelleren Besen als Dweco erkannte dass sein Teamkollege dabei war zu verlieren und er sie nicht greifen konnte löste er sich von seiner Position ließ sich fallen und schnitt der Kröte den Weg ab sie funkelte ihn wütend an als sie den Besen abbremsen musste und Dweco erwiderte es mit einem spöttischen Grinsen sie ließ sich fallen und versuchte unter Dweco hindurch zu tauchen doch er schwenkte um setzte ihr nach gewann an Schnelligkeit schloss zu ihr auf und streckte die Hand nach dem Quaffel aus ihre Oberschenkel berührten sich Dweco drückte sich heftiger gegen sie und drängte sie unsanft von ihrem Weg zu den Toren ab sie versuchte sich dagegen zu stemmen war aber zu schmächtig als dass sie gegen Dweco und seinen Besen hätte ankommen können die Kröte wandte den Blick bläckte die Zähne und dann sah Dweco ihren Fluch oder Spruch nicht hören welchen sie sprach und war in diesem Moment wirklich froh dass er das verfluchte Gen in sich trug er beschwor ein Protego an welchem der Zauber abprallte und auf die Kröte zurück geschleudert wurde sie duckte sich weg ließ den Quaffel fallen zog ihren Zauberstab ganz und richtete ihn wütend auf Dweco ihre Brust hob und senkte sich schnell ihr Gesicht war wütend verzerrt und einzelne Strähnen hatten sich aus ihrem Zopf gestohlen und wehten ihr jetzt sehr dramatisch ins Gesicht sie schwang ihren Zauberstab und Draco löste die Finger von seinem Besen um sich wieder zu schützen auch dieser Zauber wurde abgelenkt aber da Draco seine Finger von dem Stiel gelöst hatte ruckte der Besen senkte sich und verlor an Höhe er packte den Besen wieder mit beiden Händen riss daran um ihn wieder an die waagerechte zu bekommen und spürte nur wie sie ihn verfluchte Magie jagte durch seinen Körper und dann stürzte er gelähmt vom Besen es tat erstaunlich weh in dem Schneematsch zu landen Dracos Zähne waren fest zusammengepresst und wenn er gekonnt hätte dann bis er sich auf einmal wieder bewegen konnte er würde sie umbringen er würde die verdammte kleine kröte umbringen in einer fließenden bewegung die wahrscheinlich nicht so elegant aussah wie Dweckos sich erhoffte kam er hoch und sah zu der kröte hinter ihr kamen die anderen Mitspieler angeschwebt und er sah dass das Schlammblut gerade ihren Stab wieder in ihren Ärmel schob das hätte sie nicht machen sollen jetzt hatte er beide Hände frei um auch die Kröte den Boden knutschen zu lassen er hatte so schnell seinen Stab in den Händen dass es ihn selber überraschte bevor er nachdenken konnte schleuderte er denselben Fluch auf sie welchen auch sie auf ihn gesprochen hatte es bereitete Draco ein unglaubliches Gefühl von Macht als sie langsam von ihrem Besen rutschte und zu fallen begann über ihr schrie ihre Familie auf und Draco musste gar nicht hinsehen um zu wissen dass die anderen ihre Zauberstäbe zogen oder so wie Harry der Zauberer war aber das teilweise zu vergessen schien sich in den Sturzflug legte um sie aufzufangen warum konnte er sie nicht einfach dumpf auf dem Boden aufkommen lassen dann hätte er ein Problem weniger langsam an dass er seinen Stab schwang und ihren Sturz einen Meter über dem Boden abfing dann löste er den Zauber ließ sie den letzten Meter fallen und wandte sich ab seine Schulter schmerzte ihm war kalt und er war durchgeweicht aber das schlimmste war das Gewissen das eifrig in seiner Brust schnurrte am liebsten würde er es mit einem Löffel aus sich heraus kratzen kurz stockte er in seinem Schritt war das überhaupt ein Gewissen oder war es diese dämliche Mutation bis vor wenigen Monaten hätte er die Kröte mit einigen Steinen beschwert und sie angefeuert schneller zu fallen er hätte ihren Sturz nur deswegen gebremst um ein Nagelbrett dahin zu zaubern wo sie aufschlagen würde genug Wiese für einen Tag für das ganze Leben er würde nie wieder einen Fuß hier her setzen und er wollte so schnell wie möglich weg sein bevor die ganze Familie auf ihn los ging und davon konnte er ausgehen immerhin hatte er die kleine süße Tochter angegriffen Teil 12 Malfoy eine rotgekleidete Figur landete vor ihm und er erkannte den O-Ring bin schon fast weg ich will nur noch meinen Besen schnauzte er ihn ungehalten an ach weiste was behaltet ihn versetzt ihn von mir aus vielleicht rette ich damit ein paar Gnomen das Leben Draco holte Tiefluft um sich zu konzentrieren er war so wütend dass er platzen könnte kurz fragte er sich warum er so sauer war gleich war er zu hause und könnte sich duschen und niemand würde ihn mehr mit seiner bloßen Anwesenheit auf den Wecker gehen zu einer Wahrscheinlichkeit von drei Prozent hatte es ihm hier gefallen und er hatte sich darauf gefreut den undefinierbaren Eintopf zu essen neben Harry und Fleur zu sitzen und ein wenig abartige Familien Normalität zu schnuppern drei Prozent waren viel höchstens zwei Prozent mit den restlichen 98 war er heilfroh hier weg zu kommen seine Schulter drängte sich wieder in den Vordergrund und er legte seine Hand darum er holte zittrig tief Luft um sich zu konzentrieren aber dann legte sich eine große Hand um seinen Oberarm sodass er die Apparation abbrach er wollte keinen Wiesel im Malfoy Männer stehen haben Gnome du musst dir den Kopf angeschlagen haben O-Ring schüttete den Kopf du hast dir die Nase gebrochen ich richte sie dir und dann ist eine Dusche wohl das Beste für dich kurz zuckte Draco zusammen als der Ohrring seinen Stab zog und auf sein Gesicht richtete schau nicht so weißt du wie oft ich mir schon die Nase gebrochen habe kann passieren wenn man einen Hechtsprung machen muss um einem Feuerstoß zu entgehen und Draco musste ihm Recht geben als er über seine Nase strich und der Zauber in einem leichten Kribbel endete er hatte gute Arbeit geleistet und auch der Zauber hatte nicht wehgetan eine große Hand landete auf seiner unverletzten Schulter Draco geriet kurz aus dem Tritt dann hob er den Blick und sah sich dem Zwillingswiesel gegenüber du hast als erstes den Boden geknutscht hast die Ehre der ersten Dusche normalerweise schafft es Hermine als erstes unter die Dusche zu kommen er beugte sich tiefer zu Draco aber ich glaube sie schummelt sie lässt sich nach einiger Zeit freiwillig von ihrem Besen plumpsen Weiber er verdrehte die Augen tätschelte Draco die Schulter und ging dann fröhlich pfeifend mit seinem Besen über die Schulter zurück ins Haus keiner schien sich daran zu stören dass er und Ginny gegenseitig mit Zaubern aufeinander losgegangen waren auch der Ohrring schulterte seinen Besen sagte leise Glückspilz zu Draco grinste und ging dann selber in Richtung Eingang langsam verklang das rauschenden Dracos Ohren und er blickte dem Zwillings Wiesel nach und nun hörte er auch was um ihn herum los war Mama Wiesel tobte bei Merlin Draco machte einen erschrockenen Schritt zurück als er die kleine runde Frau mit in die Hüften gestemmten zu Wort kam einige Schritte hinter ihr stand Harry der seinen Zauberstab zog und ihn dann wieder in seinem Ärmel steckte nur um ihn gleich wieder zu ziehen und von einem Fuß auf den geschlagen hätte wider willig drehte sich die Kröte zu ihm um und suchte Dracos Blick ihr Haar war voll mit Schneeklumpen und hing ihr wie ins Gesicht sorry brüllte sie über das Feld und Draco konnte ihren imaginären Mittelfinger vor sich sehen ich hab dich nicht verstanden was hast du gesagt rief Draco zurück die Kröte wurde so rot wie ihre verschlammten Haare ich sagte schnauzte sie ihn an Draco begann zu grinsen es tut mir sehr leid aber ich kann dich partout nicht verstehen die Kröte begann zu zittern und kam mit großen Schritten auf ihn zu fehlte nur noch dass die kleine rauchkringel ausstieß leck mich Malfoy sagte sie leise genug dass nur Draco sie verstehen konnte minimal straffte Draco den Rücken und sagte dann genauso rückt zurück kein Interesse ich bekomme alles von Harry was ich will und brauche ach war das herrlich dass auch sie vergaß dass sie eine Zauberin war Draco duckte sich unter dem vorhersehbaren Schlag weg und machte dann zwei Schritte zurück du Arschloch brüllte sie ihn an und wollte ihm nachsetzen doch dann erschien Harry mit gezogenem Zauberstab zwischen ihnen er legte Draco eine Hand auf die Brust ohne ihn anzusehen wenigstens allem schien eingefallen zu sein dass er ein Zauberer war das war eine ziemlich gute und schnelle Apparation gewesen Geneva tobte jetzt die Mama stapfte auf ihre Tochter zu und zerrte sie hinter sich her ins Haus Draco hörte noch Worte wie Hausarrest sofort und von wegen erwachsen dann wurde es deutlich stiller im Garten als man das Geschimpfe der Wiesel Mama nur noch gedämpft vernehmen konnte und Harry ließ seine Hand von Dracos Brust gleiten geh duschen bevor George es sich noch anders überlegt und dir die erste Dusche klaut deine Schulter sieht nicht gut aus du hast mit deiner Fick Beziehung einfach mit mir aus heiterem Himmel hier aufgetaucht erwiderte Draco sah zu Harry und zog sich das Handtuch von seinen frisch gewaschenen Haaren während er es um seine Hüften ein wenig enger zusammen steckte Harry schien vor der Tür gewartet zu haben bis er das Wasser nicht mehr hatte rauschen hören der kleine war eben doch noch ein Gryffindor durch und durch bloß nicht ins Bad platzen falls Draco noch nackt war weil er ihn ja noch nie nackt gesehen und auch noch nie Dracos Sperma auf Bauch und der Hand gehabt hatte ähm oh Merlin stöhnte Draco auf und sah Harry der immer noch sein Uniform trug dabei zu wie er begann seine Schulter zu richten sie war nicht gebrochen nur ein wenig verstaucht er konnte spüren wie der pochende Schmerz nachließ bis er ganz verklungen war kaum war seine Schulter geheilt steckte Harry seinen Stab weg wandte sich dann ab und während Draco dachte dass er raus ging spürte er wie Harry ihm das Handtuch aus der Hand nahm und begann ihm seine Haare trocken zu rubbeln du bist ein Zauberer trotz deines nicht reinen Status also bitte benimm dich wie einer und wenn du dich schon wie eine Glucke benehmen musst dann sprich einen Zauber ätzte Draco Harry an Harrys Hände und das Handtuch verschwanden und kurz vermisste Draco die Zuwendung seine Mutter hatte ihm nie die Haare trocken gerubbelt sondern immer nur einen Zauber benutzt aber ein Zauber hatte etwas Kaltes und Distanziertes vielleicht machten die Muggel nicht alles falsch Oh diese neuen Gedanken und Gefühle aus sich raus zu kratzen wenn er jetzt den entsprechenden Hut aufbekommen würde dann würde er sicherlich im Auffangbecken Hufflepuff landen doch wieder suchte Harry nicht das Weite sondern seine Arme schlangen sich um ihn und er legte den Kopf auf seine gerichtete Schulter kurz verkrampfte Draco sich wollte dann aber nicht riskieren von Harry nur mit Handtuch bekleidet aus dem Bad geworfen zu werden also ließ er es über sich ergehen ich schwöre dir dass ich dabei war mich auf sie zu stürzen als ich das Blut auf deinem Gesicht gesehen habe ich hatte den Wunsch ihr weh zu tun ihr ins Gesicht zu schlagen bis sie um Gnade fleht ich habe mich selber nicht mal wieder erkannt du bist so oft mit mir zusammen Slytherin genutzt hätte sondern meinen Stab du weißt schon echter Zauberer und so Harry lachte entspannt auf lockerte seine Arme ein wenig um Dracos Oberkörper und zog ihn sanft zu sich herum sanft schob sich seine Hand in Dracos Nacken und er zog ihn zu sich hinunter sie blickten sich an Draco schob seine Arme um Harry und dann sagte dieser leise wehe du beschwerst wieder eine rosa Wolke ich bitte dich ich bringe den gleichen Gag doch nicht zweimal hauchte Draco gegen Harrys Lippen und sah mit Befriedigung wie er sich anspannte und seine Pupillen ein wenig größer wurden Draco holte Luft um ihm seine Überlegung mitzuteilen die er anstelle einer rosa Wolke hatte als Harry unterbrach bitte mach es nicht kaputt und küss mich einfach nur Sonnenuntergang Sand unter ihren Füßen und leises Meeresrauschen doch sicher in Harrys Sinne gewesen Draco kam ihm noch ein Stückchen entgegen er bemerkte wie Harry die Luft anhielt und leicht die Augen schloss sich enger an Draco presste und er eine Gänsehaut auf dem Nacken bekam Harry war ihm wirklich verfallen kurz grinste Draco saugte Harrys leicht verschwitzten Geruch auf und schloss die Augen die Tür wurde aufgestoßen und das Zwillingswiesel stand in der Tür ihr könnt eure Eheprobleme auch Harry und Draco stoben auseinander als ob sie sich aneinander verbrannt hätten das Wiesel begann breit zu grinsen und verschränkte die Arme vor der Brust Draco zupfte an seinem Handtuch herum und Harry tat nichts anderes als rot zu werden und verlegen vor im Bad macht hier gibt es genug Zimmer sucht euch eins aus vielleicht ronz das ist am weitesten vom Wohnzimmer weg anzüglich wackelte er mit den Augenbrauen und Draco wünschte sich eine Wanne voll Kakao in welcher er sich ertrinken konnte Teil 13 Harry schob Draco den Tagespropheten über den Tisch hinweg zu und schenkte ihm ein kleines Lächeln Es war der erste Prophet welchen Harry in ihrer Nähe ließ Immerhin war schon fast ein Monat vergangen seit Dracos Gesicht immer wieder die Titelseiten geziert hatte Draco hatte sich von dem Drecksblatt ferngehalten aber seine Pseudokollegen hatten es sich nicht nehmen lassen ihre Zeitungen mit einen Arbeitsplatz zu nehmen und auf ihren Tisch liegen zu lassen Draco war ziemlich erstaunt gewesen dass sie lesen konnten Nicht minder erstaunlich fand er dass sein Gesicht sehr lange die Titelseite geziert hatte es war nur eine Frage der Zeit wann er Anfragen von Modelagenturen bekommen würde du bist auf die dritte Seite gerutscht ich habe sie rausgenommen und verbrannt schweigend ließ Draco seinen Blick über die Titelseite gleiten auf welcher es darum ging ob die Winkelgasse erweitert werden solle um Platz für mehr Geschäfte zu machen dass die Leute auch keine anderen Probleme hatten mit einem kurzen Nicken als Dank in Harrys Richtung nahm er die Zeitung an sich und schlug sie auf während er die Tasse an seine Lippen führte auch Harry senkte den Blick wieder auf seine Akten und grummelte leise vor sich hin während er mit seinem Zauberstab einige Sätze einfärbte was machst du eigentlich fragte drag him und wollte die Worte am liebsten wieder zurück nehmen es war ihm total egal was Harry machte er war Auror und fertig je mehr er über Harry erfuhr und das tat er ob er das wollte oder nicht desto mehr fühlte er sich in eine Beziehung mit dem Auror Helden gezwungen er wusste was Harry gerne aß und was nicht was er in der Muggel Fernsehkiste gerne sah und dass er am liebsten auf dem Bauch schlief und dann auf sein Kissen trillte das war das letzte was er wollte morgens von Baby geschei aufzuwachen sich neben dem sabber denn etwas von Harry zu befinden einen Ring an seinem Finger und mit langen blonden Haar Merlin bewahre ihm wurde schlecht wenn er nur daran dachte warum musste er jetzt damit anfangen Harry hatte ihn auch nie nach seinem Job gefragt außer in den letzten Tagen immer mal wieder es hatte harmlos angefangen mit der Frage wie viele Tränke er am Tag braute war weiter gegangen über die Tränke welche er am liebsten fertig stellte und schließlich hatten sie abends zusammen vor dem Fernseher gesessen nur das Bild hatte sich bewegt und Harry Er hatte den Kopf auf seine Knie gestützt und ihm zugehört wie ihr Bestellsystem funktionierte Draco war sich sicher gewesen dass Harry keinen Ton verstanden hatte denn als er geendet hatte war der Film weiter gegangen Harry hatte ihn gemustert die Distanz zwischen ihnen überbrückt welche immer herrschte da einer auf der einen Seite und der anderen auf der anderen Seite der Couch saß und zwischen ihnen noch der Hintern des Riesens aus Hogwarts Platz gefunden hätte exakt diese Grenze hatte Harry überquert und Draco in einen ziemlich heftigen Kuss gezogen einer von den Küssen bei welchen Draco den Eindruck hatte dass die ganze Welt ein kleines Stückchen nach links kippte als Draco eine Erektion gehabt hatte hatte Harry ihm einen letzten Kuss auf die Lippen gehaucht sich wieder auf seine nichts anderes gekonnt als den Blick wieder auf die Mattscheibe zu legen hätte er etwa um mehr bitten sollen oder selber die Grenze überqueren Harry löste den Blick von seiner Akte und sagte dann ich fange die bösen Jungs und stecke sie nach Asgaban aha Harry grinste ein wenig und fügte hinzu ich gehöre zu einer Einheit welche nach versprengten Tod essern sucht aber da es da nicht mehr wirklich viele gibt denn wir sind ziemlich gut in dem was wir machen suchen wir nach Mördern Verdächtigen und ähnlichen Zauberern welche sich nicht freiwillig stellen also wenn du jemals was ausfrisst dann werde ich derjenige sein der dich sucht und findet Draco faltete die Finger zusammen und legte sie vor sich auf dem Tisch ab er betrachtete seinen langen schlanken weißen Finger und hob dann den Blick zu Harry der auf eine Antwort wartete und sich durch sein Haar strich führe mich nicht in Versuchung wenn ausgerechnet du mich suchst dann werde ich jetzt losziehen und alle abmänzeln die auf meiner Liste stehen und meine Liste ist ziemlich lang immerhin hast du nicht mal rausgefunden dass ich im 6. Schuljahr an dem Verschwindel Kabinett arbeitete das war nur Hogwarts gewesen und nicht die ganze Welt kurz stockte Draco der Atem und er spürte selber wie sein Grinsen ein Stückchen verrutschte eigentlich umschifften sie diese Themen ziemlich konsequent aber Harry schien sich nichts weiter dabei zu denken er begann nun selbst bereit zu grinsen überging die Aussage mit dem Raum der Wünsche und sagte für mich nicht in Versuchung dich mir mit Handschellen vorzustellen ich kann einen ziemlich guten Handfessel zauber auffällig unauffällig strich Harry sich über den rechten Unterarm wo er seinen Zauberstab verwahrte wenn er ihn nicht frevelhaft in seine Hosentasche stecken hatte es war eine Reaktion von Dracos Körper als seine Augenbrauen nach oben wanderte du bist ein Schwein Potter der lachte aber nur und hob unschuldig die Hände in die Luft ich habe nur gesagt wie ich mir vorstelle wie ich dich gefesselt abführe und dich Merlin völlig entspannt hatte Draco sich zurückgelehnt die Beine minimal gespreizt und hatte begonnen mit einer Hand sein Hemd aufzuknöpfen die Finger seiner anderen Hand hatten sich auf seinen Oberschenkel gestohlen und begann dort kleine Kreise auf seinem Gürtel zu drehen dazu hatte er sein unschuldigstes Lächeln aufgesetzt welches er perfekt beherrschte aber eigentlich nie brauchte er hatte es gewusst Harry reagierte viel heftiger auf seinen Körper als umgekehrt wenn er jetzt schon rot war und sich eine seiner Hände unbemerkt unter den Tisch stahl während sich die andere heftig ballte wie würde es dann werden wenn sie noch öfter Sex haben würden Harry würde um mehr betteln Draco begann zu grinsen na wenigstens dafür war das gehen gut er konnte den Helden der Nation um den kleinen Finger wickeln wollen wir nochmal hoch gehen schnurrte er leise und Harry begann heftig zu nicken während er sich über die Lippen leckte aber es ist schon fast acht musst du nicht ins Büro fragte er weiter und sein Siegelring der Malfoys gab ein hohes Geräusch von sich als er gegen die Gürtelschnalle stieß sofort schoss Harrys Blick dorthin und er schluckte schwer nur langsam konnte er sich von Dracos Finger lösen die spielerisch über die Schnalle tanzten dann blickte er auf die freigelegte Brust und befeuchtete wieder seine Lippen Harrys Hand war immer noch unter dem Tisch verschwunden und Draco würde einiges wetten dass er sie da unten nicht nur unschuldig auf seinem Oberschenkel abgelegt hatte ein wenig zu spät kommen kann ich schon denke ich Draco lächelte breit faltete die Finger zusammen und stürzte seinen Kopf darauf ab ich aber nicht ich muss noch für mein Geld arbeiten das du anscheinend nachgeschmissen bekommst als die Ruhe selbst rutschte er wieder näher an den Tisch und begann weiter zu essen Harry räusperte sich mehrfach und als Draco hochsah verschluckte er sich bei Harrys bettelnden Ausdruck in seinem Gesicht er hustete lachte weiter hustete wieder und wischte sich die Tränen von den Wangen während Harry mit einer deutlichen Beule in der Hose neben ihn trat und ihn unbeholfen auf den Rücken klopfte geht's Draco nickte hustete noch zweimal leise auf und trank dann einen Schluck Kaffee um seinen Hals zu beruhigen unschlüssig stand Harry neben ihm und blickte zu Draco runter der sich entspannt zurücklehnte als er Harry fragen wollte ob er irgendetwas bräuchte vielleicht einen Blowjob den er sich gerne woanders suchen dürfte zum Beispiel bei der Kröte da Draco sich niemals vor ihm auf die Knie begeben würde klopfte eine Eule den Arm hin dass sie darauf landen konnte aber sie schlug mit den Flügeln nachdem sie Harry einen dermaßen abwertenden Blick zugeworfen hatte dass Draco sich fast wieder an einem Schluck Kaffee verschluckt hätte und landete vor Draco Draco zückte seinen Stab entfernte das Pergament von dem Bein des Vogels welcher sich wieder umdrehte und aus dem offenen Fenster flog eine Antwort war wohl nicht erwünscht das Schreiben war versiegelt und als er das Zeichen erkannte welches in das Wachs gebrannt war stockte Draco kurz der Atem es war das Siegel der Malfoys nur er und seine Mutter hatten den entsprechenden Ring er schluckte schwer sein Finger mit seinem Ring schien Tonnen zu wiegen und plötzlich wurde ihm unangenehm warm seine Mutter war nun seit fast drei Jahren im Exil nicht ein einziges Mal nicht mal als sein Vater gestorben war hatte sie sich gemeldet warum jetzt ein Schreiben es konnte nur um eines gehen und das war das mutierte Gen in ihm er wusste dass seine Mutter ihn liebte aber sie war genauso stolz darauf dass ihr blut rein war sie hatte nie einen Zweifel daran gelassen dass sie voll und ganz hinter den Zielen des dunklen Lords stand aber dass seine Methoden vor allem wie er Draco benutzt hatte verwerflich gefunden hatte sie war es auch gewesen welche Draco von klein auf erzählt hatte dass er einmal eine reinblütige Frau heiraten würde welche sein Vater für ihn aussuchen würde die ihm diesen Zwang schmackhaft gemacht hatte ihm die Vorteile erklärt hatte Draco hey ich rede mit dir Draco löste seinen Blick von dem Siegel und sah zu Harry der neugierig einen Blick auf das Perkament erhaschen wollte ganz Gryffindor eben was fragte Draco ein wenig von der Rolle ihm war schlecht er hatte den Eindruck nicht genug Luft zu bekommen und wollte nichts lieber tun als die Worte seiner Mutter zu lesen und gleichzeitig wollte er den Brief nehmen und in kleine Schnipsel zerpflücken er wusste nicht was er tun sollte wenn seine Mutter ihn verstieß und Merlin ja es stand im Rahmen des möglichen dass sie genau das tat ich habe dich gefragt von wem der Brief ist wiederholte Harry ruhig meiner Mutter Draco räusperte sich seine Schultern waren angespannt wie unter dem Zeug mit welchem die Muggel ihre elektrischen Geräte betrieben und fuhr mit den Zeigefinger unter den Wachstropfen das Siegel brach und Harry riss ihm das Schreiben aus der Hand verdutzt starrte Draco auf seine leeren Finger und sah dann zu Harry hoch dessen Züge sich verfinstert hatten hast du sie noch alle schnautzte Harry ihn an und zog das Papier aus Dracos Griff weiter als er reflex artig die Hand danach ausstreckte das sollte ich dich fragen was soll das gab Draco mindestens genauso unfreundlich zurück du bist ein Todesser die ist jeglicher Kontakt zu anderen Todessern verboten ich weiß du Held aber sie war kein Todesser sie hat mit dem dunklen Nord sympathisiert ist sie nicht deswegen ins Exil geschickt worden verurteilt versteht sich fick dich Potter du warst genauso wie ich dabei was soll das gib mir das zurück Draco reckte sich und versuchte nach dem Blatt zu haschen aber Harry zog es zurück wütend funkelte er Draco an mich geht das verdammt viel an Draco dem gerade erst auffiel dass er immer noch mit bloßem Oberkörper vor Harry saß schloss sein Held mit einem Zauber um sich nicht mehr ganz so nackt und unwohl zu fühlen ich bin Auror und du bist gerade dabei gegen deine Auflagen zu verstoßen und wenn du vor mir diesen Brief liest dann muss ich dich festnehmen Draco funkelte nicht minder wütend zurück Harry erhob sich und auch Draco stand ruckartig auf sodass sein Stuhl über den Boden rutschte sie maßen sich mit Blicken und Draco ballte die Hände auf einmal so pflicht versessen gerade wolltest schnauzte Draco ihn wütend an sah auf die Pergament Rolle welche seine Mutter ihm geschickt hatte seit drei Jahren war er alleine er hatte niemanden mit dem er sprechen konnte er hatte niemandem bei dem er sich auskotzen konnte und nun nahm Harry ihm das weg was ihn näher an ein wenig Normalität brachte Harry straffte seine Schultern und sein Ausdruck wurde deutlich kühler du weißt sehr genau dass ich das nicht zulassen kann wenn du auch nur einen Satz gelesen hättest und es kommt raus dass ich davon wusste dann hast nicht nur du sondern auch ich Probleme war ja klar dass es dir wieder nur um deinen eigenen Arsch geht spottete Draco zog seinen Stab und rief mit einem Akio seinen Umhang während er das Rauschen des Stoffes in der Luft hörte sah er dass auch Harry seinen Zauberstab gezogen hatte und auf Draco richtete was schiss vor einem Akio willst du mich jetzt in Ketten legen nur weil ich einen Zauber gewirkt habe Draco fing seinen Umhang aus der Luft wenn du wieder dabei bist dann leg mir doch gleich wieder das Vila Band um und hey er zog wieder seinen Stab und hielt ihn Harry Schreib es nicht Malfoy Fick dich Potter Sie standen voreinander und Draco verspülte das unglaubliche Verlangen Harry ins Gesicht zu schlagen um den Brief seiner Mutter wiederzubekommen Er wollte es gerne tun konnte es aber nicht Seine geballten Fäuste bebten und er presste sie gegen seine Oberschenkel Er warf einen letzten Blick auf das Schriftstück und verschwand dann aus Harrys Esszimmer Teil 14 Draco fluchte als der Inhalt seines Kessels zu blubbern begann und dann schlagartig zu Stein wurde Er ließ sich auf seinem Schemel sinken und vergrub sein Gesicht kurz unbeherrscht in den Händen Er war so wütend auf Harry dass er es nicht mal schaffte einen einfachen Trang fehlerfrei zu brauen Seine Finger suchten sein Handgelenk an welchem das Band gelegen hatte und wieder fluchte er Wie tief konnte er heute eigentlich noch sinken Hat da jemand Ärger mit seinem Herrn witzelte der Hufflepuff Draco senkte die Hände wieder und weinte sich langsam zu seinem sogenannten Kollegen um Am liebsten würde er ihm sagen wo er seine Aussagen hinstecken könnte und zwar dahin wo die Sonne niemals schien Tut mir leid dass ich ein wenig gereizt bin sagte Draco zuckersüß Aber mein Herr namens Er hustete kurzgespielt auf War heute Nacht unersättlich Und bevor du deinen Mund wieder öffnest und noch mehr Müll rausfällt Nein Ich sage dir nicht wer es ist Aber wenn du willst darfst du dreimal raten Mit einem Schwung seines Stabes reinigte er den Topf von dem zu stein gewordenen Trank und ließ sich weitere Zutaten auf den Tisch schweben Mit Mühe hielt er sich davon ab sich auf seinen Mitbrauer zu stürzen der er wirklich die Unverschämtheit besaß und anfing drei Namen zu nennen Zu gerne würde er dessen blutiges Herz in den Fingern halten und es ihm vor die Nase halten während es noch schlug Er hatte die Kontenance verloren Das durfte ihm unter keinen Umständen wieder passieren Er war ein Malfoy und er behielt in allen Lebenslagen die Übersicht und den Weitblick Ein Malfoy fluchte auch nicht wie ein Kesselficker schon gar nicht wenn es andere hören konnten Harry war ein pflichtversessener kleiner Auror sein ganzes Leben hatte er dem Recht und der Ordnung verschrieben Warum hatte er nicht wenigstens einen Werwolf als Partner haben können oder die Pickel fresse Warum musste er als Todesser ausgerechnet an ein Auror geraten Malfoy Draco hob den Blick von der Wurzel unter seinen Händen und biss die Zähne zusammen Er hatte sich verbraut und damit viele teure Zutaten verkocht Er würde dafür aufkommen müssen das war ihm klar aber es demütigte ihn mehr dass er es gewesen war dem dieser Fehler unterlaufen war Mr. Underwood es tut mir leid und ich werde die Zutaten natürlich ersetzen Zutaten welche Zutaten Mr. Underwood sah sich um entdeckte den Kessel welchen Draco zwar mit den Stab reingezaubert hatte aber der ziemlich verformt aussah Ach das Er zuckte mit den Schultern und wedelte damit die Hand zu den anderen beiden Mitarbeitern jeder macht mal Fehler und wenn ich euch alles vom Gehalt abziehen würde was ihr vermurkst dann bräuchten ihr einiger einen zweiten Job und ich würde sogar noch einiges einnehmen murmelte er Draco augenzwinkern zu Draco begann zu grinsen und seit heute morgen hatte er wieder ein gutes Gefühl seine Wut setzte sich merklich als er das freche Glitzern in den Augen war was wahres dran Pickelfresse und der Hufflepuff verbrauten sich mindestens einmal jeden Tag zudem hatten sie einen ziemlich hohen Verschleiß an Zutaten sie gingen einfach nicht sorgsam genug damit um holten nicht alles aus ihnen heraus was ging sondern schelten viel zu grob und pressten die Sachen nicht richtig aus wo Draco nur die Hälfte der Zutaten benötigte brauchten sie teilweise fast doppelt so viele Mr. Underwood reichte ihm einen Brief der ist an dich adressiert die Eule schien nicht rein zu kommen und hat ihn deswegen bei mir abgeliefert Draco bedankte sich öffnete den Brief und bekam sofort wieder schlechte Laune er spürte selber wie sein Grinsen auf seinem Gesicht gefror und sich dann in eine Grimasse verwandelte seine Kollegen kicherten leise als sie das sahen und Draco richtete seinen Blick auf sie ich habe mir schon einen wirklich netten Platz für eure Leichen ausgesucht wollt ihr das riskieren er wusste dass er zu weit ging aber er hatte einfach keinen Kopf für seinen Job Harry und die beiden voll Pfosten kurz überflog er noch einmal den Brief Draco komm heute Abend zu mir Ha einen Scheiß würde er tun um 17 Uhr stand er vor Harrys Tür und klopfte an seine Laune war im Keller und er war sich heute Abend allein die Kante zu geben wenn seine Laune schon im Keller rumwuselte dann konnte sie wenigstens einige Flaschen Alkohol mit hoch bringen der elf öffnete Draco die Tür knutschte den Boden bei der Begrüßung und das bildlich gesprochen Draco sah wie seine Lippen den Marmor berührten und wie er schnell mit einem Handtuch über die Stelle wischte Draco verdrehte genervt die Augen bellte ein wird das heute noch was und der elf geleitete ihn dann nach oben in Harrys Arbeitszimmer was begrüßte Draco Harry und verschränkte die Arme vor der Brust er hatte seinen Umhang und seine Schuhe anbehalten um Harry klar zu zeigen dass er nicht vor hatte lange zu bleiben Draco setz dich doch bitte Draco war so kurz davor das hässliche Bild welches Harry zusammen mit seinen Freunden zeigte von der Wand zu nehmen und ihm einen Kopf zu werfen vielleicht würde er ja davon noch eine Narbe zurück behalten dann könnte er jedem erzählen dass die eine von dem bösen dunklen Nord war und die andere von seiner bösen Bösen genmutierten Freundschaft Draco Malfoy stammte Harry verdrehte die Augen als Draco sich nicht regte dann halt nicht gab er plampig zurück er beugte sich zur Seite zog eine Schublade auf und legte dann die Pergamentrolle auf den Tisch ich habe den Brief gelesen das Bild reichte eindeutig nicht wie schwer musste ein Stein sein bis er Mus aus Harry machen würde wenn er ihn auf ihn runter stürzte eine Tonne zwei ob er dafür seinen Zauberstab ziehen müsste reichte da nicht die Gen-Mutations-Magie was für eine Ironie das doch wäre zerquetscht von der verdammten Gen-Magie oder war es möglich ein schwarzes Loch zu erzeugen in welches er Harry schubsen könnte wobei er könnte Harry auch einfach in seine Truhe stopfen aus der man nichts mehr holen könnte welche er sich an dem Tag gekauft hatte als er Harry in der Winkelgasse getroffen hatte die Bücher über seine Mutation lagen dort immer noch drin ohne dass Dwecku sie rausnehmen konnte na wenigstens würde Harry dann ein wenig Lektüre haben wenn er darin fest saß immerhin würde er ihm nicht direkt dadurch schaden immerhin würde er ihm damit nicht direkt schaden Harry wäre ebenso einfach nur weg und Dwecku hätte ihn nicht verletzt das würde er vielleicht sogar seine Mutation so verkaufen können oder er könnte seine geheime Fantasie in welcher er die Kröte die Treppe runter stieß einfach mit Harry durchführen beides würde im Augenblick diese Befriedigung mit sich führen ich werde ihn vernichten so wirst weder du noch deine Mutter in Schwierigkeiten kommen und ich vernachlässige meine Pflichten nicht super soll ich jetzt danke danke sagen oder noch besser ich werde das Sarkasmus Schild mit diesen Worten ersetzen dann kannst du dir das Schild an die Wand hängen und sich daran erinnern was für ein toller kleiner und großzügiger Held du doch bist und wo wir schon mal dabei sind kannst du gleich ein Bild von dir neben dem Schild machen es den Propheten schicken und ihnen in einem Atemzug sagen was ich für dich bin das wäre doch eine Schlagzeile Malfoy sagt danke zu seinem Herrn Potter ist nicht mal zu lang kann gleich unter Potter wieder solo gedruckt werden hast du es langsam fragte Harry zurück und stützte sich mit den Händen auf dem Schreibtisch ab nein ich will nur kurz Luft holen ich habe dir noch einiges zu sagen ehe ich mich aus dem Staub mache und du mich nie wieder sehen musst gut dann hol mal Luft Harry verschränkte die Arme vor der Brust ich werde noch heute Abend diesen Brief verbrennen aber jetzt gehe ich duschen und vergesse ihn wieder in die Schublade zurück zu legen Draco stockte in seiner wütenden Antwort was ich weiß nicht was du meinst aber ich gehe jetzt die nächsten zehn Minuten duschen damit drehte er sich einfach um und verließ sein Büro Draco starrte auf den Punkt an welchem Harry gerade noch gestanden hatte er hörte wie Harry die Stufen hoch stieg wie die Badtür klapperte und er war sich sicher das Wasser rauschend zu hören langsam umrundete Draco Harrys Schreibtisch und ließ sich auf dessen Stuhl sinken genauso langsam nachdem er einen Blick auf die Tür geworfen hatte entrollte er das Pergament lieber Draco ich hoffe es geht dir den Umständen entsprechend gut ich habe in der Zeitung gelesen dass du das Wielergen in dir trägst ich habe mir die Stammbäume unserer Vorfahren angesehen die Stelle an welcher unser Blut getrübt wurde habe ich gefunden 1805 heiratete Beko Black eine Frau welche nicht für ihn bestimmt war es scheint dass hier die Trübung des Blutes stattfand ansonsten habe ich keinerlei Lecks weder in der Malfoy noch in der Black Linie gefunden deine Wieler wird dir einen würdigen Partner gewählt haben da es wahrscheinlich keine Frau ist wird mit dir die Malfoy Linie aussterben versuche deinen Herrn davon zu überzeugen ein Kind mit einer reinblutigen Frau zeugen zu dürfen nachdem du schon Malfoy Männer und das gesamte Malfoy Vermögen in ihnen verloren hast wäre es eine kleine Entschädigung wenn er dich einen Erben zeugen ließe ansonsten halte dich und deinen Herrn von der Öffentlichkeit bedeckt unser Name ist schon so lange durch den Dreck gezogen worden versuche weiteren Kollateralschaden zu vermeiden Narcissa Malfoy Dracula las den Brief dreimal durch und war sich nicht sicher ob er erleichtert oder bitter enttäuscht sein sollte er war sich immer noch nicht sicher wie er reagieren sollte als er den Brief zurück auf den Tisch legte und sich in Harrys Stuhl zurücklehnte nach kurzer Zeit hörte er Harry aus dem oberen Stockwerk runterkommen und sah wie er sich gegen den Türrahmen lehnte sein Haar war feucht und stand ihm in alle Richtungen ab seine Berufskleidung hatte er gegen ein einfaches T-Shirt und eine lockere Jeans eingetauscht mit einer Hand verwuschelte er sich sein feuchtes Haar noch mehr und sein Blick lag auf Draco lieber würde Draco sich selber nach Azkaban einweisen lassen als sich bei Harry zu entschuldigen oder sich gar zu bedanken aber Harry schien davon nichts hören zu wollen er stieß sich von dem Türrahmen ab griff sich den Brief und warf ihn dann in die Flammen des Kamins willst du noch zum Essen bleiben fragte er stattdessen nur und im Papier war kaum noch etwas zu sehen Harry wandte sich von dem Kamin ab und betrachtete Draco welcher genauso stumm Harry musterte also essen fragte er wieder und Draco erhob sich hast du anständigen Wein gekauft dieses billige Zeug das du dein eigen nennst trinke ich nicht er öffnete seinen Umhang und ließ ihn auf Harrys Schreibtisch fliegen bleibst du fragte Harry ihn schüchtern nachdem sie gegessen hatten und sich die ganze Zeit konsequent angeschwiegen hatten Draco betrachtete seinen leeren Teller er hatte keine Lust alleine in Männer zu sitzen und sich Gedanken um den Brief seiner Mutter machen zu müssen aber wo sollte er sonst hingehen draußen war es eisig und außer Harry hatte er niemandem bei dem er sich die Zeit vertreiben konnte so sehr es würde hier bleiben bei dem Mann dem er den ganzen Schlamassel zu verdanken hatte kurz nickte er abgehackt füllte sein Glas erneut mit dem wirklich guten Wein den Harry ausgesucht hatte auch über Nacht fragte Harry nach denk nicht mal dran Sex mit mir zu haben Draco lehnte sich zurück und schwenkte das Glas in seine Hand Harry sah wirklich enttäuscht aus auch wenn er versuchte es zu überspielen es entlockte Draco ein Grinsen das erste seit dem Brief er hatte es immer gewusst nicht nur die Mutation war an den Herren gebunden auch der Herr band sich an seinen vorbestimmten Partner Harry war ihm verfallen sehr verfallen wenn er den bitteren Zug um Harrys Lippen richtig interpretierte du hast noch etwas bei mir einzulösen dass ich dich in die Wiesel Hölle begleitet habe und deine Patsche Hand gehalten habe Draco nahm einen Schluck und beobachtete fasziniert wie Harry zu einer Signalleuchte mutierte er brauchte exakt zwei Sekunden bis er die ersten roten Flecken auf den Wangen bekam und genau acht Sekunden ehe er wieder von seinem Teller aussehen konnte wir sind doch für Gleichberechtigung oder fragte Draco weiter und er war sich nicht sicher ob es an dem Wein lag oder weil er sich langsam wieder entspannte aber er fühlte sich wohl besonders als er Harrys Lächeln sah und dann das leichte Nicken so schnell er konnte ertränkte er sein eigenes Lächeln in seinem Weinglas Merlin langsam fühlte er sich als ob er zu heiß gebadet hatte Harry bescherte ihm nicht die Schmetterlinge in seinem Bauch von welchen alle pubertierende Mädchen sprachen aber er fühlte sich beschützt und das hatte er schon seit Jahren nicht mehr bevor er das allerdings jemanden stecken würde er eher versuchen ohne Besen zu fliegen und zwar von einem sehr hohen Turm nur um sicher zu gehen seine Mutter war nicht erfreut über das Gehen wünschte sie sich einen Erben der die recht ausgedünnte Malfoy in Black Linie weiter führte aber was sollte Draco tun ihr zuliebe eine Frau schwängern unter keinen Umständen er war bei Harry und er würde es sich nicht mit ihm verscherzen wenn er nun fragte ob er Harry betrügen dürfte ganz davon abgesehen dass er es auch einfach nicht konnte und was sollte seine Mutter auch lassen und ihn zwingen ihn und die Frau ausziehen und sie zusammen ins Bett legen so entstanden aber keine Kinder er bekam doch nicht einmal einen hoch wenn er bei Selbstbefriedigung nicht an Harry dachte dann würde das auf alle Fälle bei irgendeiner Frau klappen während seine Mutter am besten noch daneben stand und ihm Tipps gab wollen wir hoch gehen oder willst du noch einen Wein riss Harry Richtig Harry gab ja gerade den zweiten Teil seiner Jungfräulichkeit Draco zuliebe auf ein Grinsen huschte über Dracos Gesicht er stellte das Glas zurück und beugte sich zu Harry ich werde ganz zärtlich sein Baby doll Harrys Ausdruck wechselte von Vorfreude zu einem leicht angenervten sag das nicht was zärtlich ich wusste nicht dass du schnaubend schnappte Harry Draco am Kragen zog ihn nah zu sich sodass Draco die Tischkante in seinen Nieren hatte und küsste ihn ungestürm und ungelenk Draco bitte sei einfach still Draco leckte sich über die Lippen zog dann Harry die Brille von der Nase und ließ sie auf den Tisch fallen wie ihr befehlt Herr nah an Dracos Lippen lachte Harry auf hauchte ihm einen weiteren Kuss darauf dann flüsterte er dagegen so kannst du mich ruhig öfter nennen Dracos Hand rutschte in Harrys Nacken und hielt ihn fest das werde ich erst dann machen wenn du den dritten Avada überlebst Deal erneut lachte Harry leise auf nickte dann und sagte Deal Teil 15 Harry stand vor dem großen Doppelbett in seinem Schlafzimmer und Draco konnte sehen wie nervös der kleine Held war den Stoff seines T-Shirts hatte er zwischen Zeigefinger und Daumen geklemmt rieb ihn nervös und blickte zu Draco auf seine Brille lag noch immer unten auf dem Esstisch als er danach hatte greifen wollen hatte Draco die Hand auf Harrys gelegt und nur gesagt ohne siehst du um Welten besser aus Potter als Harry wegen dem Kompliment errötet Was ich damit sagen wollte war dass du nun ohne dieses Muggelding auf deiner Nase ganz annehmbar aussiehst Und dann war er nach oben ins Bad gegangen um sich zu duschen Durch Dracos immer noch feuchte Haare fielen ihm Wassertropfen auf die Brust Harry schien diese allerdings auf die Distanz nicht zu sehen und musterte stattdessen aufmerksam seinen Körper Er knifft die Augen ein wenig zusammen da er anscheinend wirklich so blind war wie eine Echse Sein Blick glitt über die Narben an der Brust zu dem Handtuch das Draco sich umgeschlungen hatte Er schien wirklich nervös zu sein Auch wenn sich jetzt schon eine deutliche Erektion unter seiner Hose abzeichnete Niedlich Unsicher setzte er sich auf die Bettkante ohne damit aufzuhören den Shirt Saum zwischen seinen Fingern zu reiben Die kurze Distanz zwischen ihnen überquerte Draco sobald Harry sich hingesetzt hatte Er trat so nah zu ihm dass dieser den Kopf in den Nacken legen musste und sagte dann schlicht Steh wieder auf Ohne darüber nachzudenken gehorchte Harry und Draco zog ihn nah zu sich Diese Rollenverteilung war schon viel mehr nach seinem Geschmack oder besser gesagt der Nebendepart Wenn Harry das Weibchen war dann wäre Draco im Umkehrschluss auch ein Weibchen gewesen als er mit Harry geschlafen hatte und er war alles andere als eine Frau Ein leichtes Lächeln stieß sie auf seine Züge Das hier war sein Revier Sanft begann er Harry zu küssen und strich ihm über den Rücken Unter seinen streichelnden Händen spürte er wie sich Harry deutlich unter dieser Zuwendung entspannte ging doch Draco hatte vor Harry um den Verstand zu bringen wenn er ihm zeigte dass er das alles sehr viel besser konnte und vor allem länger durchhielt dann würde Harry die passive Rolle eher annehmen und Draco war den verhassten neben den Part los unachtsam ließ Draco Harry Sachen neben sich auf dem Boden fallen und stieß ihn dann aufs Bett Harry rutschte sofort nach hinten in die Kissen und streckte die Hand nach der Schublade neben sich aus doch Draco umschlang Harrys Finger mit sein er küsste ihn liebevoll am Hals und murmelte ihm dann zu lasse es kleiner Held einfach hinlegen und entspannen er wusste dass das nicht mehr nett war und sich so gar nicht nach ihm anhörte aber er hatte sich selber unter der Dusche nonstop das Mantra vorgesagt dass er freundlich sein würde so nett und süß dass Harry Karius davon bekam und am besten würde er das machen können wenn er nichts sagte oder ebenso wenig wie möglich kurz hatte er an einen schweige zauber gedacht welchen er auf sich selber legen wollte aber er hatte es dann verworfen er war ein Malfoy und Harry sage alles egal wie dämlich es ist was mir durch den Kopf kommt während ich sex habe Potter konnte er auch ertragen Augen zu und durch oder eher Ohren zu und durch das hatte er sich fest vorgenommen egal was Harry unüberlegt von sich geben würde er würde darüber stehen mit unendlicher Geduld begann er Harrys Körper zu lipkosen küsste ihn immer wieder fuhr mit den Fingern über Brust und Bauch strich über seine Erektion und biss ihm immer wieder leicht in Hals und Schulter erst als Harry leise um mehr zu betteln begann streckte er die Hand nach dem Nachttisch aus blind da er Harry nicht aus den Augen ließ stieß er gegen die Bücher und sie kippten deswegen von der Ablage Harry zuckte zusammen und wandte den Kopf blind wie und fragte dann was war das das war offiziell ein stimmungskiller anstatt dass er einfach darüber gestanden wäre fragte er wirklich nach was sollte denn da schon runter gefallen sein wohl kaum das Hochzeitsbild von der Kröte und ihm die Bücher die hier immer noch liegen ernsthaft Potter warum stellst du die nicht weg legen die hier falls du beim Sex was nachschlagen musst verdammt verdammt das war es also gewesen nicht nur Harry war mit seiner Frage auf der Stimmung herum gehüpft auch Draco hatte es sich mal wieder nicht verkneifen können trotzdem musste Draco kurz schmunzeln zusammen schlugen sie jegliche rosa Herzchen Wolken von wegen er würde jeglichen Kommentar für sich behalten na was soll's er war Draco Malfoy Master of Sarkasmus ähm machte Harry und Draco küsste ihn wieder küsste ihn so lange bis Harry vergessen haben zu schien um was es ging er wollte unter allen Umständen vermeiden dass Harry jetzt einen Rückzieher machte wegen wegen der dämlichen bücher in denen im übrigen nicht viel interessantes stand die sich entschieden hatten dass es ihnen auf dem Boden besser gefiel Draco mummelte er leise in den Kuss leg dich auf den Bauch dann ist es leichter für mich und für dich fast umgehend wurde Harry rot als ob ihm erst jetzt wieder einfallen würde warum er und Draco hier zusammen auf dem Bett lagen aber er drehte sich auf den Bauch und drückte sein Gesicht in das Kissen um Draco und das was er vor hatte nicht sehen zu müssen Draco zog das Gleitmittel mit Kirsch Geschmack wie es die große breite lächerliche Kirsche auf der Verpackung verriet aus der Schublade und zögerte dann er richtete sich ein Stück auf und begann zu grinsen als er sah dass Harry wirklich die Plugs nachgekauft hatte welche Dracos magischem Feuer zum Opfer gefallen waren aber ansonsten war die Schublade leer nur die drei Plugs und noch einige Tugend Gleitgel ganz anders als das Schubfach ausgesehen hatte als das Schlammblut Harry mit allem in ihren Augen nötigen versorgt hatte vielleicht hatte er aber auch die Spielsachen von der ehemals zukünftigen Miss Potter in Asche verwandelt Draco konnte nicht anders als zu grinsen als er daran dachte dass er Krötes Lieblings Vibrato zerstört haben könnte er fischte sich einen der Plugs heraus und öffnete die Verpackung als er die Hülle aufgerissen hatte richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf Harry welcher den Kopf gehoben und die Augen leicht zusammen gekniffen hatte um zu erkennen was Draco hinter Ich dachte du hättest was gegen Spielzeug Ich habe nur ein Problem mit Sachen welche das Schlammblut angefasst hat Harry reckte sich ein wenig und Draco drückte ihn mit ein wenig Nachdruck wieder auf den Bauch Er wollte jetzt keine Grundsatz Diskussion darüber führen was das Schlammblut berührt hatte und was nicht Kurz sträubte Harry sich dann blieb er ruhig liegen und Draco verrieb einiges von dem Gel auf der Spitze des Placks und fuhr damit seinen glitschigen Fingern zwischen Harrys Po backen Spreiz deine Beine ein Stückchen Kurz zögerte Harry kam der Aufforderung dann aber nach und schob seine Knie ein wenig auseinander sodass Draco viel besser an ihn rankam Langsam strich er das leicht erwärmte Gel zwischen die Po backen und sah sofort wie Harry sich unter den tastenden Fingern verspannte Draco legte den Kopf schief bewegte die Finger langsam weiter und zählte innerlich bis drei schon sagte Harry das was ihm durch den Kopf ging der kleine Held war einfach so berechenbar er schien wirklich nicht viel zu denken also würde Draco ihm auf jeden Fall schon mal nicht das Hirn raus fügeln können Hermine hat mir Draco seufzte auf Hand und Harry zuckte heftig zusammen regte sich nun viel heftiger und griff sich an seinen Hals Harrys ganz persönliche Mutation hatte die Magie gegen ihn verwendet und hatte ihm ein Schweigefluch aufgehalst sprich ihren verdammten Namen nicht wenn wir im Bett sind mahnte er Harry an der nun zu nicken begann und Draco nahm den Zauber wieder von ihm zu seiner unglaublichen Erleichterung hielt Harry jetzt wirklich den Mund und verkrallte seine Finger an dem Kissen als Draco die Spitze des Plugs ansetzte und langsam in ihn drückte Ein leises Winseln war Harrys Reaktion Seine Schultern und sein Hintern verkrampften sich und Draco war sich sicher dass er gerade in sein Kopf Kissen biss Dracos Hand mit welcher er sich auf dem Bett abstützte begann zu zittern Er tat Harry weh hieß dass die Mutation Harry weh tat und genau daran hatte die Mutation kein Interesse Er konnte Harry nicht schaden selbst wenn es für einen guten Zweck wie Sex war Das konnte doch nicht wahr sein Sollte er wirklich für immer den passiven Part einnehmen müssen Er ließ locker und das Spielzeug glitt aus Harry welcher zitternd ein und aus atmete Geht es Gryffindor fragte Draco nach und begann Harry sanft im Nacken zu küssen ihn so auf andere Gedanken zu bringen Noch ein Versuch Du musst dich entspannen Babydoll Harry schnaubte nur in sein Kissen hob den Kopf und Draco setzte wieder die feuchtglänzende Spitze an dieses Mal ging er allerdings sanft davor Er stellte die Küsse an Harrys Nacken nicht ein spürte wie die Muskeln sich unter seinen Lippen nach und nach wieder entspannten und dann drückte er den Plagg ein winziges Stückchen in Harry ließ es aber sofort wieder aus ihm gleiten und wiederholte das nach einigen Augenblicken wieder zufrieden stellte er fest dass das miese Gefühl aus seiner Magengegend verschwunden war er tat seinem Partner nicht mehr weh vielleicht war es unangenehm für Harry aber nicht mehr schmerzhaft und das kapierte sogar die Mutation Teil 16 dieses Mal ging es wirklich sehr viel besser Harry begann sogar nach ein paar Augenblicken zu keuchen und seine Finger verkrallten sich in den Bettlaken Draco richtete sich ein Stückchen auf und strich Harry nun beruhigend über die Schulter während der Plagg immer weiter in ihn eindrang und Harry leise keuchte erst als das schwarze Hilfsmittel ganz in Harry steckte wagte Draco auf zu atmen so weit so gut er beugte sich zu Harry dessen Nacken verschwitzt war und er sich langsam eine Matratze rieb ich zieh das Ding jetzt aus dir raus murmelte Draco ihm zu um ihn nicht zu verschrecken und Harry bewegte leicht sich selber lächeln und biss sich heftig auf die Unterlippe da Harry ihm in dem Augenblick das Gesicht zu wandte und ihm mit leicht geöffneten Lippen anblickte zärtlich fuhr Draco mit den Fingern Harrys Rücken hinunter küsste ihn und zog das Spielzeug aus ihm raus er spürte wie Harry sich kurz unter dem Kuss verspannte und strich ihm gleichzeitig durch sein Haar Draco tastete nach dem Gleitgel setzte sich auf und begann sich selber damit einzuschmieren Harry schien bereit genug zu sein als Draco den Blick hob sah er dass Harry ihn beobachtete die Lippen leicht geöffnet was er sah schien ihm zu gefallen denn er wurde augenblicklich rot und drückte sein Gesicht wieder in das Federkissen da schlief der kleine Held jetzt schon zum mindestens siebten oder achten mal mit seiner Mutation brachte den Sex immer mit einem Handjob bei Draco zu Ende wurde aber rot wenn er Dracos Finger an seinem Penis sah Gryffindor Draco rutschte hinter Harry fasste ihn sanft an der Talie und zog ihn hoch Harry reagierte und drückte sich ein Stückchen nach oben sodass Draco ihm ein Kissen unter den Bauch schieben konnte dass Harry nicht ganz so platt auf der Matratze lag Zudem hatte er es jetzt sehr viel bequemer weil er sich nicht selber aufrechthalten musste Draco massierte seine glitschige Erektion und betrachtete Harrys gebräuten Rücken Dann legte er eine Hand an dessen Hüfte Kann ich? Bevor Harry es sich allerdings anders überlegen konnte setzte er seine Spitze an und schob sich langsam in ihn auf Schmerzen zu warten welche er auch sicher hatte die Mutation in Draco begehrte heftig auf und Dracos Hände um den Hüften vor ihm verkrampften sich während er inne hielt er knirschte mit den Zähnen zog sich ein Stückchen zurück und schob sie dann noch einmal in die warme Enge Harry mummelte er gequält auf da er langsam Schmerzen bekam welche er nicht lokalisieren konnte er hatte das Gefühl dass sein Blut immer heißer wurde und sein Herz Schlag beschleunigte sich merklich es stand im krassen Gegensatz zu dem erregenden Gefühl welches Harry ihm gerade durch seine Passivität bescherte nur langsam löste Harry seine fest zusammengeballten Fäuste und holte tief Luft genauso wie Draco der langsam die Schmerzen in den Rückenstrich er stand wohl in direkter Verbindung zu Harry wie damals in der Nacht konnte er spüren wenn es Harry schlecht ging natürlich bekam Draco nicht jedes Mal mit wenn Harry sich entschied seinen Finger als Unterlage für seine Brote zu nutzen aber wenn es schlecht um den Helden stand oder Draco ihm Schaden zufügte fühlte das die dämliche Mutation nur um sich dann schützend auf die Wangen Innenseite er hatte sich so besorgt angehört wie eine Mutter die das aufgeschlagene Knie ihres Kindes in Augenschein nahm hm machte Harry nur wieder und Draco nahm das als Aufforderung sich langsam in ihm zu bewegen kurz krampfte Harry wieder aber Draco wusste dass er über den Berg war das ist nun solange er sich nicht noch einmal verkrampfte recht schmerzfrei ablaufen würde Draco atmete noch einmal tief durch wappnete sich gegen das eventuelle erneute Aufkochen seines Blutes und zog sich zurück um dann wieder zu zu stoßen Harrys Hände krampften sich wieder zusammen aber der Schmerz blieb komplett aus Draco wiederholte die ruhige Bewegung immer wieder und nach einiger Zeit begann Harry leise zu keuchen ehe er erschrocken den Kopf hob und nun vernehmlich aufstöhnte Draco das war nochmal fragte Draco und wusste genau was Harry meinte es war der Wahnsinn wenn er mit seinem Penis die Prostata traf oder streifte ruhig stieß er nochmal zu und schloss genießerisch die Augen als er Harry wieder aufstöhnen hörte nur um sie gleich wieder aufzureißen verdammt das hier war purer Sex und es ging nicht um Harry hier ging es ganz alleine um ihn und ob Harry jetzt keuchte oder nicht konnte ihm gleich sein bewusst zog er nun das Tempo an und Harry begann heftiger und abgehackter zu keuchen während er seine Hand zu seiner eigenen Erektion schob und diese zu reiben begann langsam verstand er warum Harry immer zu früh kam das war der Wahnsinn nicht dass er das nicht schon mal mit einer Frau gehabt hatte aber mit Harry war es um einiges besser Draco hatte das absurde Gefühl Harrys Erregung schmecken zu können regelrecht die kleinen erregenden Wellen zu spüren welche er Harry bescherte Draco senkte den Kopf und von seiner Nase tropfte ein Schweißtropfen vielleicht war das auch alles nur deshalb so unglaublich weil er seit über drei jahren mal wieder aktiv sex hatte und er sprach ihr nicht davon dass er es sich ab und an mal selber machte er legte den Kopf wieder in den Nacken genoss Harrys unglaubliche Wärme und Enge ließ sich treiben und bekam nicht mehr mit dass Harry kam erst als Harry aufkeuchte und sein Penis ruckartig Harrys Körper ab und erhöhte das Tempo minimal bis er selber kam kurz genoss er seinen Orgasmus dann ließ er sich auf Harrys heißen und zitternden Körper sinken spürte wie er aus Harry rutschte und fiel daneben ihn er hielt die Augen geschlossen atmete tief ein und aus um sich selber zu beruhigen und blickte erst als sich sein Herzschlag wieder verlangsamt hatte zu Harry dieser musterte ihn neugierig und hatte das Kissen unter seinem Bauch entfernt zwar verzog er das Gesicht kam ihm aber trotzdem sehr viel näher scheinbar tat ihm sein Hintern weh Draco wusste dass es vergehen würde zögernd hob er eine Hand und strich Draco eine Strähne aus den Augen das ist gerade ein sehr schwuler Moment gab Draco zum besten Harry ließ die Hand auf das Bett fallen und stöhnte gequält auf mit der Hand mit welcher er gerade Draco die Haare aus dem Gesicht gestrichen hatte fuhr er sich über seine Augen und rollte sich dann auf den Rücken wie weich Baby doll schnurrte Draco zufrieden und nun war er es der sich auf die Seite drehte und seinen Kopf auf eine Hand abstützte ehe er Harry nun einige Haare von seiner Narbe schob entgegen seiner Vermutung dass Harry seine Hand wegschlagen würde suchte Harry nur seinen Blick es tat am Anfang ziemlich weh kam es dann ehrlich von ihm missbilligend schnalzte Draco mit der Zunge das wollte ich nicht wissen ich wollte wissen wie ich war ein wenig verlegen wandte Harry den Blick an die Decke und grinste dann leicht gar nicht mal so schlecht für einen Todesser Draco zog eine Augenbraue hoch hast du da etwa mehr Erfahrung mit Todessern von welchen ich wissen sollte Bellatrix oder etwa Draco senkte verschwörerisch die Stimme doch nicht der dunkle Lord persönlich ein ziemlich langanhaltendes Lachen war die einzige Antwort von Harry und dann sogar die Decke über sich und damit auch über Draco er blieb Draco auch dann noch eine Antwort schuldig als er sich wieder beruhigt hatte Bellatrix er kicherte wieder leise und Voldemort aber ja doch deswegen wollten wir uns gegenseitig an die Gurgel wir waren mit den Qualitäten des anderen unzufrieden nun war es an Draco zu grinsen und er ließ sich auf seinen schmalen Platz fallen als Harry keine Anstalten machte ins Bad zu gehen oder ein wenig von Draco abzurücken gespielt genervt stöhnte Draco auf und ließ sie auf das schmale Stück Matratze fallen welches Harry ihm zugestand Teil 17 Draco fragte er nach einigen Augenblicken in denen sie sich angeschwiegen hatten und jeder seiner eigenen nicht ganz jugendfreien Fantasie nachgegangen war sind wir ein Paar überrascht öffnete Draco die Augen und musterte Harrys Profil er war wieder rötlich angelaufen und betrachtete interessiert die Wand als ob er sich überlegte ob er sie streichen sollte waren sie ein Paar was machten Paare sie lebten zusammen verbrachten ihre Abende zusammen schliefen in einem Bett aßen zusammen und erzählten sich was sie den Tag über gemacht hatten sex bekamen Kinder heirateten Draco strich sich durch sein Haar und schloss wieder die Augen sie taten alles was andere Paare auch taten nur eben ohne das heiraten Kinder bekommen und so ein Kram wir lieben uns nicht also nein sagte Draco schlicht und bewegte sich ein wenig unter der Decke bis er bequemer lag auf diese Aussage hin schrieg Harry und als Draco hossah klappte ihm sehr Gryffindor haft der Mund auf so schnell er konnte sammelte er sich wieder sich nein sag nicht dass du dich in mich verliebt hast Harry schluckte sich schwer denn sein Adams Apfel bewegte sich Nein Draco ich habe mich nicht in dich verliebt aber du tust gerade so als ob das das schlimmste ist was du dir vorstellen kannst wir sind aneinander gebunden und früher oder später werden wir uns ineinander verlieben ungewöhnlicherweise wusste Draco darauf nichts zu sagen er hatte nicht einmal eine sarkastische Antwort auf Lager unruhig blickte er weg bis er Harrys Hand auf seiner Wange spürte und hoch sah jetzt schau nicht so als Einstieg auf dieses Gespräch wählte Draco ein Schnauben öffnete den Mund und Harry nahm ihn sofort in Beschlag sanft küsste er ihn schob seine Zunge zwischen Dracos Zähne und vertiefte den Kuss während er Draco am Nacken festhielt nein mummelte er gegen Dracos Lippen und hauchte ihm noch einen Kuss darauf ich will nicht dass du mich wieder mit einem sarkastischen Spruch bewirfst ich sagte nur dass es sein kann ich zwinge dich zu nichts zu gar nichts aber wenn es passieren sollte dann verlange Füßen dagegen wärst wir sind noch kein Paar das stimmt wir lieben uns noch nicht aber ich sagte noch Draco und ich weiß dass je näher wir uns kommen wir voneinander angezogen werden du bist meine Wieler Draco zuckte kurz zusammen als ob Harry ihn geschlagen hätte das ist nichts schlimmes Draco du bist meine Wieler und ich habe dich an meiner Seite in der Nacht akzeptiert als du mir das Leben gerettet hast wir sind aneinander gebunden und ich akzeptiere dass es dir Angst macht ich verstehe das denn ich habe genauso eine unglaubliche Angst davor du hast Angst vor der Gesellschaft und ich davor dass wir es doch nicht schaffen und in einer unglücklichen Beziehung festsitzen also lass es uns einfach versuchen und sehen wo es endet mit einer Hand kloppte Draco an die Haustür mit der anderen streifte er sich seine Kapuze von dem Kopf er wartete einige Augenblicke bis Harry ihm die Tür öffnete sie blickten sich kurz an und sahen dann in unterschiedliche Richtungen es herrschte eine seltsame Stimmung zwischen ihnen und zum ersten Mal hängte Draco seinen Mantel selber auf anstatt ihn Harry in die Hand zu drücken sie gingen nach oben setzten sich und Harry schob Draco den Profilten hin Seite 4 langsam wird es ihnen langweilig mummelte er mit belegter Stimme und Draco rutzelte die Stirn ich habe den Artikel rausgenommen und verbrannt ohne dass Harry es sehen konnte nickte Draco ihm knapp danken zu und schenkte sich Kaffee ein er schlug die Zeitung auf und begann den Leitartikel zu lesen von Harry hörte er nicht viel außer dass er ab und zu mit seinem Besteck klapperte ehe Draco die Zeitung hinlegte und Harry betrachtete welche an seine Akte starrte und sich nicht sonderlich regte nicht mal seine Pupillen bewegten sich die letzten zwei Nächte hatte Draco und Harrys Aussage geknabbert er hatte in dieser Nacht wirklich nichts weiter dazu gesagt sie hatten in Beschlag genommen hatte sich nackt wie er war an ihn geschmiegt und ihm dann sanft über die Schulter gestrichen während Draco an die Decke gestarrt hatte der nächste Morgen war nicht minder unangenehm gewesen genauso wie die nächsten zwei Frühstückstreffen Harry schien darauf zu warten dass er etwas dazu sagte aber was sollte er dem Helden mitteilen dass er seiner Meinung war dass sie gar zu sitzen um sich gegenseitig mit kleinen Pralinstücken zu füttern dass sie zusammen ziehen würden dass sich Draco mehr als das hier wünschte dass er eine Partnerschaft mit einer Frau wollte mit welcher er einen reinblütigen Erben zeugen konnte Harry fragte er so ruhig wie es ging und der angesprochene hob langsam den Blick ich denke du hast recht lass uns sehen wo das alles auf diese zwei einfachen Sätze hin musste Draco schwer schlucken auch wenn es ihm Harry nicht ansah so waren ihm die beiden Sätze wahnsinnig schwer gefallen er hatte sich lange überlegt was er sagen sollte er hatte seinem Spiegelbild einen halbstündigen Vortrag über Reimbüter und seine Familien gehalten er hatte sich danach selber den Mittelfinger gezeigt hatte seine Frisur ruiniert indem er unbeherrscht mit den Fingern durchgefahren war er hatte sich selber wieder hergerichtet und dann seinem Spiegel erklärt dass er sehr froh war wie es alles lief dass er nur Sex und die täglichen Frühstücke haben wollte mehr nicht Sex und Frühstück dass Draco ansonsten nicht mehr vorbeikommen würde und dass er Harry bat auch nicht mehr bei seiner Arbeit aufzutauchen so dass sie zusammen etwas essen gehen konnten dann hatte Draco sich selbst angestarrt hatte sein Gesicht in seine Hände vergraben und dann den Kopf geschüttelt erst dann hat er die beiden Sätze welche er eben auch zu Harry gesagt hatte seinem Spiegelbild genannt immer und immer wieder bis er sich sicher war dass es das war was er wollte nicht hauptsächlich wollte aber zum Großteil natürlich wünschte er sich immer noch eine Frau und ein reinbütiges Kind mit blondem Haar und silbernen Augen aber er wusste wie unrealistisch das war also hatte er sich aus dem Kopf geschlagen und sich den Tatsachen gestellt und die Tatsache war die Wieler in ihm und Harry er wusste dass er das Beste daraus machen musste wieder und wieder hat er sich die beiden Sätze gesagt wie in einem Mantra er hatte schlecht geschlafen war viel zu früh wach gewesen und nun waren sie endlich raus nach zwei Tagen des dauerhaften Grübelns und Draco wusste dass er das Richtige getan hatte sie hatten die Chance auf eine glückliche Zukunft zusammen die ersten Augenblicke starrte Harry durch ihn hindurch erst dann fixierte er ihn und schüttelte den Kopf bitte fragte er nach er schien mit den Gedanken weder bei Draco geschweige denn in diesem Raum zu sein scheinbar konnte er es nicht fassen diese Worte aus Dracos Mund kaum zu hören Draco hat es auch nicht fassen können dass er es wirklich gesagt hatte aber da er es schon mal von sich gegeben hatte schaffte er es auch ein zweites Mal ich sagte dass du recht hast lass uns sehen wo das alles hinführt also das mit dir und mir wieder starrte Harry einige Augenblicke an zog sich dann die Brille von der Nase und massierte seine Nasenwurzel das war eigentlich nicht die Reaktion welche Draco sich erhofft hatte und er runzelte missmutig die Augenbrauen das war dein Part an welchen du hättest sagen müssen aber ja mein Liebster und einzigartiger Draco lass uns zusammen glücklich werden ich habe zwei Einhörner gemietet in den Sonnenuntergang reiten können Harry lachte nicht wie er es sonst tat wenn Draco ihn versuchte auf die Palme zu bringen seine Mundwinkel zog nicht mal und Draco hatte langsam den Eindruck dass etwas anderes im Argen lag als nur ihre Beziehung und baldiges Zusammenleben gefolgt von herzzerreißenden Liebesgeständen und einer Hochzeit plus einem adoptierten Kind was ist los fragte Draco spürte wie sie seinen Herzschlag beschleunigte und seine Handflächen feucht wurden nervös rieb er sie an seiner Hose ab und sah Harry dabei zu wie er seine Brille wieder aufsetzte und sie sich auf die Nase schob Draco sagte sagte er leise und mit einer schmerzverzerrten Stimme dass Draco sich sicher war dass jemand gestorben war Harry stockte und sah dann weg was ist los wiederholte Draco stammelnd was sehr untypisch für ihn war er hat noch nie gestammelt ihm lief ein eisiger Schauer über den Rücken wenn Harry ihn mit dieser Nummer auf den Arm nehmen wollte dann würde er ihn umbringen aber dafür war der Held eigentlich nicht der Typ Draco wir er atmete tief durch und sah Draco dann direkt an ich trenne mich von dir Teil 18 Draco erstarrte und blickte in die grünen Augen des Helden unsicher grinste er und häusperte sich dann unangenehm als Harry keine Miene verzog und ihn nur schweigend betrachtete das ist echt ein schlechter Scherz überlass solche Aussagen lieber mir versuchte Draco es dann und wischte sich nochmal seine feuchten Hände an seine Hose ab ihm war übel ihm war so übel dass er schon spürte wie sich sein magen schmerzhaft zusammen zog Harry vor ihm seufzte leise auf zog sich nochmal die Brille von der Nase erschöpft rieb er sich über die Augen und erst jetzt nahm Draco wahr wie müde Harry aussah er hatte tiefe Augenringe und seinen Hautton konnte man sehr gut als Käseg beschreiben und selbst für die niedrig angelegte Messlatte für Harry sahen seine Haare aus wie Kraut und Rüben immer noch rieb Draco mit seinen Händen über seine Hose und rasch nahm er sie dort weg als ihm diese unbeherrschte Geste auffiel warum sagte Harry das war er es nicht gewesen der noch vor zwei Tagen davon gesprochen hatte dass sie es mit einer Beziehung versuchen sollten dass sie sehen sollten wo das alles endete ohne sich gegenseitig oder sich selber unter Druck zu setzen hatte Harry das gesagt weil Draco zu lange zum nachdenken gebraucht hatte bis er sich klar war was er wollte aber bis gestern beim frühstück schien Harry das alles ganz locker zu nehmen hatte immer über Dracos Bemerkungen geschmunzelt hatte ihm sogar angefangen von einem Fall zu berichten an welchem er gerade arbeitete natürlich durfte er keine Namen nennen aber er hatte Draco das Suchmuster beschrieben nach welchem sie vorging um den Verdächtigen zu finden Harry hatte ihn gefragt ob seine Haare zu lang wären und er sie sich mal wieder schneiden solle dabei hatte er eine Strähne in sein Sichtfeld gezupft und angefangen zu schielen um die Haare im Blick zu haben Draco hatte nur geschmunzelt eine Kinderschere beschworen deren Klingen ziemlich stumpf waren sodass man damit für Harry abgelegt du machst das doch eh immer selber so krausig wie die Zottel auf deinem Kopf aussehen und damit kannst du dich nicht mal verletzen und dir eine zweite Narbe auf der Stirn verpassen wäre ja auch wirklich peinlich wenn du sagen musst ja Leute also die eine ist vom dunklen Lord dem dunklesten Zauberer aller Zeiten der wegen dem ich zweimal gestorben bin der welcher seine Seele geteilt hatte um niemals zu sterben der welche zwei Kriege gegen die magische Welt geführt hat die andere Narbes vom Haare schneiden Harry hatte vor Lachen gewiert als er die rosa kleine Plastik Schere hoch genommen hatte und noch dazu seine Hübsche hatte er gesagt und sie sich genau angesehen hast dir richtig Mühe gegeben das goldene Trio nett Draco hatte die Stirn gerunzelt und sich vorgebeugt hatte er wirklich das goldene Trio auf die Schere beschworen aber auf dem schmalen Plastikgriff waren nur drei Ponys abgebildet und nun musste auch Draco grinsen nett wiederholte er Harrys Worte welches bist du das in rosa oder das mit dem Regenbogen Schweif ohne eine Miene zu verziehen hatte Harry sein Stab gezogen und hatte die Schere angetippt so dass das rosa Pony eine Blitznarbe auf der Flanke hatte sie hatten sich angesehen und beide grinsen müssen ehe sie sich geküsst hatten einfach so ohne dass einer von ihnen auf den anderen zugehen musste es war ein zärtlicher kurzer Kuss gewesen einer von denen die Partner tauschten um sich zu zeigen dass sie sich liebten um sich gegenseitig zu zeigen dass sie füreinander da waren dass sie den anderen mochten heftig schluckte Draco nochmal er war sich nicht sicher welches Gefühl stärker war die Wut die Enttäuschung oder doch die Scham weil er sich so sehr vor Harry geöffnet hatte und nun von ihm zurückgestoßen wurde warum sagst du das nur weil ich die Zeit gebraucht habe mir darüber klar zu werden ob ich mit dir Harry Augenschein Potter vielleicht eine Beziehung haben will ernsthaft Harry schüttete den Kopf und setzte seine Brille wieder auf Draco das hat nichts mit dir zu tun super und mit wem dann hast du festgestellt dass du doch mehr auf Frauen abfährst schnautzte Draco ihn wütend an verdammt gab Harry nun genauso heftig zurück und funkelte Draco an mir macht das alles genauso wenig Spaß wie dir dann nenn mir nur einen nur einen einzigen verdammten Grund den ich nachvollziehen kann warum du mich jetzt verlässt wo ich doch schon unsere Zukunft mit einem blonden Kind mit grünen Augen vor mir gesehen habe merklich blasser werdend sah Harry auf seinen Teller er atmete tief durch sodass seine Brösel durch den Atemzug über das Porzellan fegten und auf dem Tisch durch landeten dann straffte er die Schultern sah wieder Draco an sein Blick war nun sehr viel ruhiger dafür war seine Stimme brüchig als er sagte Ginny ist schwanger die Stille die darauf folgte war so tief dass sie die Standuhr im anderen Zimmer ticken hören konnten was fragte Draco und fühlte sich betäubt als ob sich jegliches Leben aus ihm verabschiedet hätte und er nur noch eine Puppe ohne Inhalt war er hoffte dass er sich eben verhört hatte dass Harry anfing zu lachen und ihm etwas von einem dämlichen Muggelbrauch erzählte gab es so etwas nicht auch einen Tag im Jahr an welchen man die Leute auf den Arm nahm doch irgendwie glaubte er das nicht es war nicht Harrys Art so was zu sagen nicht nach dem was sich die Kröte bei dem Spiel erlaubt hatte Ginny ist schwanger wiederholte Harry doch seine Stimme hörte sich immer noch belegt an kurz schloss Draco die Augen und fuhr sich unbeherrscht durch die Haare ich nehme mal stark an von dir fragte er nach und war erstaunt wie Isaac seine Stimme klang obwohl er eher das Gefühl hatte dass sein ganzer Körper aus Pudding zu bestehen schien Harry grummelte eine positive Antwort und Draco kahlte sich an seinem Sessel fest seine Finger schlossen sich so heftig um die Lehnen dass sich das Holz schmerzhaft in seine Hand Innenflächen presste und wann soll das passiert sein fragte er nach die Eifersucht nagte an Draco hatte Harry mit der Kröte geschlafen während sie auch schon das Bett geteilt hatten oder in der Zeit in welcher Harry schon wusste dass er seine G-Mutation war erinnerst du dich an Abend als der Tag bevor ich auf dem Außeneinsatz so schwer verletzt wurde Draco grummelte zustimmt an dem Abend hatte Harry gedacht dass Draco ein Date mit wie auch immer hätte dabei hatte er nichts anderes getan als seinem Chef bei der Bestandsaufnahme im Laden zu helfen und am nächsten Tag hat er die halbnackte Kröte zusammen mit Harry der auch nicht sehr viel mehr angehabt hatte in dessen Wohnzimmer vorgefunden hast du nicht gesagt dass du es nicht konntest wir hatten Sex aber ich bin nicht gekommen berichtigte Harry ihn leise und traute sich nicht auf zu sehen Potter zwing mich nicht dir zu erklären wie das mit den Bienchen und den Blümchen funktioniert wie kann sie schwanger geworden sein wenn du nicht gekommen bist durch Magie durch verdammtes Wunschdenken kann auch sein dass sie bei den Malen vor Weihnachten schwanger geworden ist Harry vergrub sein Gesicht in seinen Händen Merlin ich weiß es nicht vor sieben Wochen also Draco biss die Zähne so heftig zusammen dass ihm der Kiefer wehtat sicher dass es von dir ist fragte Draco noch mal nach in der stillen Hoffnung dass Harry es falsch verstanden hatte oder dass Draco sich schlicht verhört hatte ja sie hat nur mit mir geschlafen bevor Draco fragen konnte wie viel Harry auf das Wort der Kröte gab fügte dieser hinzu und ich glaube ihr das sie hat mich nie belogen ehrlichkeit war ihr sehr wichtig Draco hörte es leise knirschen und er versuchte gleichmäßiger und ruhiger zu atmen Merlin er stand so kurz davor sich vor Harry zu knien und darum zu betteln dass er ihn bei sich bleiben ließ wieder schloss er seine Hände um den Stuhl um sitzen zu bleiben obwohl die Schmerzen eigentlich erträglich waren immerhin waren sie schon einige Zeit getrennt gewesen und bis Draco Harry getroffen hatte hatte er auch damit leben können Kopfschmerzen Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit waren ihm primär aufgefallen Sekundär war dann natürlich die innere Unruhe als ob er ständig zu viel Kaffee trinken würde und gleichzeitig zu wenig davon im Organismus hatte er würde sich mit Tränken über Wasser halten können schmerzlindernde Tränke hatten selten Nebenwirkungen wenn man sie auf kurze Zeit nahm das gemeinsame Frühstück würde gestrichen werden und er würde einfach wieder arbeiten gehen und sich abends und am Wochenende in seinen Männer verkriechen hatte ja auch Vorteile Potter würde komplett aus seinem Leben gestrichen werden nie wieder müsste auch nur ein Gedanken an die Wiese den Helden oder dessen geliebte Schlammblüter verschwenden er würde nichts anderes machen als lesen essen und arbeiten und irgendwann würde er sterben wenn er Glück hatte in 50 oder 60 Jahren wenn er Pech haben würde erst in 80 bis 90 Jahren was für ein verlockendes Leben es tut mir leid Doreko ich habe dir gesagt dass ich bei dir bleibe aber das ist ein Kind mein Kind und es hat verdient in einer intakten Familie aufzuwachsen Harry schluckte heftig und sprach weiterhin mit seinem Teller ich meine wir könnten uns weiterhin sehen aber das was wir sonst so machen er wedelte kurz mit der Hand zur Decke in Richtung Schlafzimmer das geht nicht mehr Teil 19 Doreko konnte sich selber schnauben hören und es knirschte wieder vernehmlich kurz blickte er sich nach dem Geräusch um fand aber den Ursprung nicht dir ist klar dass es mir das nicht leichter macht wie du vor zwei Tagen so treffend erkannt hast bin ich deine verdammte Mutation ich kann mich nicht nur einmal in der Woche mit dir treffen wenn wir das gekonnt hätten dann hätte ich das von Anfang an vorgeschlagen aber da will ich dich lieber gar nicht sehen ich habe keine Lust auf eine Linderung nur dass es dann wenige Tage später wieder von vorne losgeht wenn ich schon keinen Hunger mehr haben werde dann will ich wenigstens dein Gesicht nicht mehr sehen müssen fragte die schmerzen wie schlimm werden sie sein in den büchern steht dass es sehr unterschiedlich ist natürlich stand das so in den büchern da stand alles so drin dass die gewissenlosen zauberer sich nicht um ihre mutation kümmern mussten wenn sie sie von sich stießen die meisten brachten sich nach wenigen Wochen selber um weil sie ganz genau wussten dass sie zu kaum etwas anderem Aber bevor Draco die Hand an sich selber legen würde die Hölle zufrieren und der Himmel gleich mit Das allerletzte was Draco wollte war dass Harry ihn bemitleidete und sich nur deswegen mit ihm traf Unregelmäßig versteht sich weil seine Familie die neue Mrs. Potter sowie James und die bald darauf folgende Lily Potter seine Aufmerksamkeit beanspruchten dass sie sich zu Beginn alle zwei Tage sahen und Draco dann immer öfter eine Eule bekam dass Harry es nicht schaffte weil seine Kinder zum Arzt mussten oder er ihnen versprochen hatte in den Park zu gehen und irgendwann würden die Eulen mit den fadenscheidigen Entschuldigungen ganz ausbleiben bis Harry ihn komplett vergaß und Draco sich dann mit genau dem selben Problem konfrontiert sah wie jetzt dass er sich ohne einen Partner egal ob Harry oder sonst jemand rumschlagen musste kaum sagte er knapp und sah wie Erleichterungen über Harrys Gesicht zu gehuschten was was für Probleme bekommst du denn dann fragte Harry nochmal genauer nach und begann mit seinem Kaffeelöffel zu spielen egal was Draco jetzt sagte Harry hatte sich schon längst entschieden er würde ihn sterben lassen für sein zukünftiges Kind gut nicht sterben lassen und wenn Draco ihm schildern würde wie heftig die Entzugserscheinungen waren würde er wahrscheinlich hier in das Black House zusammen mit der Kröte einziehen nicht nur überflüssig sein sondern auch noch dabei zusehen müssen wie Harry und die Kröte eine glückliche kleine Familie gründeten war es überhaupt möglich dass er dann nicht auch Schmerzen bekommen würde immerhin sehnte sich die Mutation nach Aufmerksamkeit es war auch gut möglich dass er neben Harry sitzen konnte und sein Kopf vor Schmerz gespalten wurde während diese der Kröte einen Arm umlegte und seinen Sohn James und seine Tochter Lily an sich drückte soweit er sich daran erinnern konnte stand etwas entsprechendes in dem Folterbuch für Vilas welches er gelesen hatte wenn die Vila ignoriert wurde und das über einen längeren Zeitraum traten die spezifischen Symptome ein und wenn er schon leiden musste dann wenigstens in seinem eigenen Haus ohne das Bild einer glücklichen kleinen Familie vor Augen zu haben meine Probleme Potter gehen dich nichts mehr an gab Draco kühl zurück Draco flüsterte Harry bittend was hast du für Probleme wenn wir uns nicht mehr sehen ich habe keinen Appetit mehr aber das muss dich nicht kümmern ich kann trotzdem essen und ich werde mich sicher nicht selbst umbringen nur weil ich keine Lust mehr auf Kuchen habe tief atmete Harry durch und Draco sah wie es ihn erleichterte dann könntest du das hinbekommen also ich meine ohne mich an deiner Seite du würdest dich nicht umbringen oder so nun war es an Draco tief durch durch zu atmen also wenn du mich so fragst verspüre ich jetzt schon den unglaublichen Wunsch mich in der Waschküche zu erhängen das ist nicht witzig Draco doch das ist es Potter weil es dich schlicht und einfach nichts mehr angeht selbst wenn ich es machen würde aufmerksam musterte Harry ihn er schien nach etwas wie Verlust oder Angst in Dracos Gesicht zu suchen aber dieser biss sich gerade gekonnt auf die Zunge so dass sich auf sein Gesicht zügen so hoffte er es zumindest nichts anderes als Langeweile widerspiegelte sind wir schon wieder beim Nachnamen angekommen darauf antwortete Draco mit einer kühlen Gegenantwort super dass du nicht in mich verschossen warst jetzt kannst du dich in aller Ruhe wieder deiner baldigen Ehefrau widmen Harry senkte den Blick und schwieg tja Draco schlug die Hände zusammen unter dem klatschenden Geräusch schreckte Harry kurz zusammen das scheint es dann wohl gewesen zu sein ich denke nicht dass ich Zeug von mir hier rumliegen habe wieder hörte er kaum wahrnehmbares knirschen als Harry erneut hoch sah und nur mit den Schultern zuckte es tut mir so leid Draco für dich wieder Malfoy ich schätze es nicht wenn meine Bettgeschichten mich mit meinen Vornamen ansprechen das impliziert eine zu innige Beziehung Harry lächelte ihn schwach an das hier er deutete auf Draco und dann auf sich das werde ich wirklich vermissen ich werde mein gratis Frühstück vermissen sagte er schlicht und stand auf ruhig trank er seinen kalten Kaffee leer und stellte dann die Tasse auf den Untersetzer zurück wenn etwas sein sollte dann weißt du wo du mich findest und das sage ich nicht nur so ich meine das ernst wenn es dir schlecht geht oder du Hilfe brauchst oder sowas dann kannst du immer zu mir kommen egal was es ist zu zu gütig potter aber ich bin selbst schon groß sonst noch was hast du einen tränenreichen Abschied eingeplant ich hoffe nicht ich bin jetzt schon zu spät dran schweigend blickte Harry ihn von unten her an dich scheint das nicht wirklich zu kümmern oder seine Stimme klang enttäuscht wie wir schon festgestellt haben gab es da nichts zwischen uns potter wir wollten es versuchen weil du ein schlechtes gewissen hattest abermals senkte Harry kurz betroffen den blick natürlich hatte der kleine vorzeige gryffindor held ein schlechtes gewissen gehabt und nur deswegen da machte draco sich keinerlei illusion war Harry darauf eingegangen dass draco ihm nahe sein durfte ohne diese ganzen unschönen patzer ganz zu anfangen hätte sich draco ihm niemals so geöffnet und so viele sarkastische einfach geschluckt und es für mich bequemer war einmal am tag bei dir vorbeizuschauen und ich so meinen nachmittagstee und kuchen genießen konnte wir haben nur zusammen gegessen und ab und an mal ein wenig gefögelt das ist alles und jetzt machen wir das eben nicht mehr nichts was ich nicht schon ziemlich oft davor getan habe das einzige das ich vermissen werde ist dein Hintern wer kann schon von sich behaupten den helden gebumst zu haben harrys blick wurde um einige grad kühler und wieder knischte es deutlich in dracos ohren bemühe dich nicht baby doll sagte draco gelassen und strich sich seinen anzug glatt ich finde den weg nach draußen auch alleine dann wünsche ich dir mal ein wundervoll spießiges leben mit deiner kleinen kröte zum glück hast du jetzt ganze wagenladungen an gleit gehe aufgebracht öffnete harry den mund aber du winkle winkte nur ab und spürte das eisige lächeln auf seinen lippen welches harry in der schule immer so zu weiß glück gebracht hatte er nickte ihm noch einmal abfällig zu wandte sich von ihm ab und schritt gelassen aus dem zimmer sobald er draußen war atmete er tief durch und schüttelte dann den kopf ehe er sich über die ohren strich immer noch hörte er das leise knirschen als ob glas aufeinander reiben würde war das ein mutations ding oder hörte er einfach nur schlecht gab es eine ohren knirsch krankheit draco schlug in der gasse hinter dem laden auf seine haare glättete er mit einer hand trat dann ein und hängte seinen mantel auf mr underwood wünschte er einen guten morgen und sah sich dann die bestellungen durch welche säuberlich gestapelt auf ihrem dafür vorgesehenen platz lagen eigentlich waren sie nach dringlichkeit sortiert hieß dass die drei sich immer von oben die neuesten bestellungen runternahmen einige kunden zahlten mehr wenn sie die tränke dafür schnellst möglich erhielten aber draco stand er sinnig danach für trank zu brauen mit welchem der hunger gedämmt wurde ihm egal ob sie eine bikini figur brauchte diesen trank bekam sogar der verschnitt hin welcher gerade munter durch die tür kam draco dabei anstieß und ohne begrüßung oder entschuldigung zu seinem platz ging kurz bis draco fest die zähne zusammen um ihn nicht anzupampen und zog einen aufwändigen skill wachstrank hervor das anspruch nehmen der trank war kompliziert wie draco feststellte als er sich die zutaten durch las vieles davon musste frisch gewonnen werden und konnte nicht schon vorbereitet aus den entsprechenden schubladen zu ihm gezaubert werden er würde sich dabei die finger schmutzig machen müssen und sich voll auf die zubereitung konzentrieren wenn er fehler vermeiden wollte teil 20 gelassen zog er seine spinn handschuhe an und bewegte dann die finger als sich die fäden wie eine zweite haut um seine blassen hände legten mit einem wink seines stabes holte er sich die entsprechenden zutaten aus seinen tisch ließ ein kessel aus gold zu sich schweben und entzündete das feuer unter dem topf er senkte den kopf und begann konzentriert zu braun schaltete jegliche hierlose konversation seiner sogenannten kollegen aus ignorierte mr underwood welcher einmal kurz in den raum gekommen war um nach dem rechten zu sehen und blendete genauso aus nervige knacken in seinen ohren aus das hier war sein element er arbeitete sich punkt für punkt seite für seite durch das rezept ließ seine mittags pause ausfallen da er keinen hunger hatte und erst als der verschnitt und das argen im paradies die tür hinter sich zuschlugen nachdem sie gegangen waren war auch dweco fertig er drosselte das feuer rührte den trank noch einmal um und schrag dann zusammen als er seinen chef vor sich stehen sah dieser beugte sich über den kessel schnüffelte an dem trank beäugte ihn kritisch und strahlte dweco dann an sehr guten mach floi dieser trank hat eine wirklich gute qualität dafür kann ich doppelt so viel verlangen plapperte er gut gelaunt und zwinkerte dweco zu aber das würde ich ja nie machen fügte er an und zwinkerte ihm wieder zu ehe sich sein faltiges Gesicht unter dem lächeln verzog danke sir dweco wischte sich mit seinem ärmel über seine stirn und begann den Tisch zu säubern wieder knirschte es in seinen Ohren und dweco schüttelte minimal den kopf vielleicht hatte er sich ein parasiten eingefangen immerhin arbeitete er mit zutaten welche aus der ganzen welt stammten und in brasilien gab es wirklich widerliche kleine maden welche im gehörgang eier legten er würde sich wohl darüber schlau machen müssen mr underwood begann die lampen zu löschen und trat dann zusammen mit dweco beide in ihren warmen menteln gehüllt auf die schmale gasse hinter dem laden er bewegte seinen stab legte mehrere schutzzauber auf und um den laden während draco die kühle luft tief einatmete heute abend würde er sich ein fest mal gönnen so eines wie man es nur an hohen feiertagen aß eines welches so sehr vor kalorien strotz dass er danach eigentlich mehrere tage lang nichts mehr essen müsste aber da er bald kein hunger gefühl mehr haben würde war das doch perfekt er würde sich heute abend ganz alleine in seinem manner ohne dass er mit jemandem etwas teilen musste den magen verderben nun gut maffleu dann wünsche ich dir noch einen schönen abend murmelte mr underwood in seinen schal ihn auch sehr mr underwood zwinkerte draco noch einmal zu und verschwand dann mit einem ploppen damit stand draco allein in der dunklen gasse und vergrub seine hände in seinen taschen normalerweise wäre jetzt kurz nach hause appariert um sich zu duschen hätte sich dann eine flasche wein geschnappt wenn möglich einen jahrgang welchen harry noch nicht gekostet hatte und wäre dann zu harry gegangen sofort schüttelte er den kopf als das knirschen dieses mal so laut war dass er vor schmerz die augen zusammen kneifen musste das hörte sich wirklich nicht gut an vielleicht trieben auch zwei seiner knochen nah bei seinen ohren aufeinander und deswegen hörte er dieses wundervolle geräusch ein leises mauzen riss ihn aus seinen überlegungen vor ihm schälte sich die straßen katze aus der dunkelheit und ging zielstrebig auf du du erster reflex war einen schritt nach hinten zu machen dass ihm das ding auf vier foten nicht zu nahe kam doch die katze hielt unbeheelt auf ihn zu strich ihm um die beine was bei draco einen ekel schauer auslöste um sich dann mauzen vor ihn zu setzen es war eindeutig das gleiche vieh welches mr underwood vor einigen wochen eine sardine zugeworfen hatte am nächsten tag hatte er die kröte auf harrys sofa erwischt damals hat er sich eigentlich vorgenommen ein einem moment der puren total überflüssigen rührung das ding mitzunehmen wenn er es noch mal traf draco armete tief durch na dann mummelte er und streckte die hand nach dem flohteil aus die katze mauzte fordernd entweder nach futter oder nach streichel einheiten drückte den kleinen kopf an dracos hand und dieser wirkte trocken er packte sie am nacken und hob sie hoch die katze fauchte aber der nackenreflex ließ sie still halten draco hob sich das vieh ein wenig näher ans gesicht und betrachtete es ja eindeutig einmal waschen und das gründlich damit verschwand er zusammen mit dem fellbündel in seinen männer erst hatte er Lucy damit beauftragen wollen dass am besten in dem Zeug mit welchen sie auf dem Boden wischte aber dann hat er sich umentschieden sein magen knurrte vor hunger da er kein mittagessen gehabt hatte und so hat er seiner elfe nur seinen umhang gegeben ihr aufgetragen dass sie kochen sollte und zwar so richtig mit allem was dazugehörte ehe er mit dem fauchenden etwas ins Bad marschiert war so du Ding hat waschen ein einziges langes aggressives fauchen war die antwort gewesen wenn du gewusst hätte was das für ein kampf war dann hätte er lieber mit lacy den platz getauscht das wie hatte sich geweigert geduscht zu werden erst hatte du das ding in die wanne gesetzt aber sobald es nur ein wenig nass geworden war hatte es gefaucht und versucht zu flüchten so hatte er das eben am nacken festgehalten und das dann mit einem lauwarmen strahl wasser aus seinem stab nass gemacht er ist dann einmal in ein wasser voll mit shampoo getaucht und es dann mit einem weiteren zauber eingeseift das wasser was er dann aus dem fell gespült hatte hatte ihm recht gegeben das ding war schmutzig gewesen so schmutzig dass Dweco immer wieder mit sich kämpfen musste welcher im abguss verschwunden war das essen war köstlich und auch wenn Dweco wusste dass er es bereuen würde so fütterte er das ding mit einigen fleischstücken von seinem teller wenn er dem tier einmal etwas vom tisch reichte würde es immer wieder nach mehr verlangen erst hatte das Vieh gefaucht als Dweco es trocken gezaubert hatte und es war als sie zusammen in hatte ihm der Kater ziemlich schnell verziehen vielleicht auch deswegen weil das Fell in einem sehr dunklen braunen ton zu schimmern begonnen hatte und Dweco jegliches Leben das sich in dem Pfer getummelt hatte mehrfach raus geflucht hatte schmunzelnd beobachtete Dweco das Vieh welches über den Teppich lief den Schwanz in die Höhe gerichtet und dann mit einer Selbstverständlichkeit neben Dweco auf der Couch Platz nahm nachdem sie zusammen gegessen und das Ding sich den Salon genauestens zu Gemüte geführt hatte das Vieh gähnte zeigte dabei die langen spitzen Zähne und kugelte sich daneben Dweco zusammen Dweco betrachtete den Fellhaufen neben sich und zuckte dann zusammen als er wieder das Geräusch von berstendem Glas hörte er fuhr sich mit den Händen über die Ohren konnte aber nichts feststellen was dieses Geräusch auslösen konnte es schien ein zauberer Kater zu sein er war viel zu klug für eine normale Muggelkatze oder gar einen Streuner kurz zögerte Dweco dann bewegte er sein Stab über dem Kater und ein schwarzes Halsband schlang sich um den Hals der Katze auch ohne es zu sehen wusste Dweco dass unter dem Band das Malfoy Wappen baumelte jetzt wusste wenigstens jeder dass das Ding ein Zuhause hatte wie nennen wir dich denn fragte er das Vieh leise wie wäre es mit Jumenta lateinisch für Rindvieh Dweco grinste breit und fuhr dann zögerlich mit den Fingerspitzen über das weiche Katzenhaar am Köpfchen am nächsten Morgen wachte Dweco ziemlich zeitig auf weil kleine Pfoten auf seinen Beinen und seinen Bauch herum liefen seine erste Reaktion war sich wieder umzudrehen aber er blieb ruhig liegen als Jumenta es sich auf seinem Unterlepp bequem machte kurz winselte Dweco auf als er wieder das Knirschen wahrnahm gestern hatte er es den Abend über ignoriert er hatte noch nie ein Haustier gehabt außer eben eine Eule aber die hatte ihn eigentlich nur gebissen und gestern hatte er sich an seinem neuen Mitbewohner wie ein kleiner Junge erfreut hatte den Kater beobachtet wie er durch die Zimmer gelaufen war und alles inspiziert hatte eigentlich war auf seinem Schoß ein aufgeschlagenes Buch gelegen aber dieses hatte er ignoriert seine Eltern hatten nie andere Haustiere als Eulen gelten lassen eine Katze oder gar eine Ratte wie die Ratte eine gehabt hatte wäre ihn niemals ins Haus gekommen Panisch presste Draco die Hände auf die Ohren als das Geräusch wieder kam dieses Mal sehr viel lauter und länger sein Rücken bock sich nach oben und Jumenta rauschte von der Decke Das Kreischen verklang und Draco setzte sich auf strich seiner Katze entschuldigend über den Kopf und kraute dann den Nacken des Tieres Da muss seine kraulenden Finger stockten dann schrie Draco auf als das Kreischen so laut und so schmerzhaft in seinem Kopf wieder halte dass er ins Bett zurück fiel die Beine an die Brust zog und seine Hände an die Ohren presste was der Qual aber keinen Abbruch tat es kam nicht von außen es kam von innen aus seinem Kopf und dann war es von einem Augenblick auf den nächsten weg komplett weg und er wusste dass es nicht wieder kommen würde es war so erschreckend still dass er glaubte sein eigenes Herz klopfen zu hören Dweco wandte sich auf den Bauch verkrallte sich in seinem Kopfkissen versteckte sein Gesicht darin und begann hemmungslos zu schluchzen er stickte selber seine Tränen und die leisen lauter in dem Federkissen er stickte auch kratzte mit seinen Nägeln über den Stoff und bis schließlich hinein um sich selber zu beruhigen er hatte die Augen starr auf das weiß des kissens gerichtet spürte wie sein brustkorb sich hektisch hob und senkte langsam bekam er sich wieder in den griff die Tränen versiegten schleppend und seine Atmung verflachte wieder das weinen und die wut halfen dem Verlust ein wenig Luft zu machen als er sich aufrichtete um ins Bad zu gehen setzte ein leichter Schmerz hinter seiner Stirn ein und Appetit auf ein Frühstück welches Lacey ihm bisher immer gezaubert hatte mit Brötchen und Hörnchen hatte er auch nicht mehr Teil 21 Draco zwang sich selber ruhig im Bett liegen zu bleiben so lange bis sein Wecker angehen würde schon seit drei Stunden lag er wach wälzte sich von einer Seite auf die andere und fand keinen Schlaf mehr schließlich blieb er auf dem Bauch liegen und beobachtete die magischen Zahlen welche über seinen Nachttisch schwebten die Minuten zerrannen wie eine zähe Masse und mehr als einmal stoss Draco die Augen und wenn er sie wieder öffnete hoffte er dass es endlich sieben Uhr war dass er aufstehen konnte oder dass schlagen er schätzte gegen eins vielleicht war es auch schon gegen zwei gewesen Draco seufzte leise in die Kissen unter welchem er seine Arme vergraben hatte sodass sein Kopf ein wenig höher lag und sah wieder eine Minute verrinnen Seit einer Woche hatte er seine Nächte das Wochenende und die Abende alleine im Männer verbracht und ihm ging es in Umständen erstaunlich gut wie er festgestellt hatte ob er nun sieben Stunden oder eben ein wenig weniger schlief machte keinen großen Unterschied nur sein Kaffeekonsum hatte sich merklich gesteigert bisher hatte er das Zeug nur morgens getrunken nun nahm er sich etwas davon mit abgefüllt in einer silbernen Flasche auf die Arbeit erhitzte es mit einem Zauber und trank es dann wie Wasser die Zahlen neben sein Bett wechselten die im Kamin ging das Feuer an und die Lampen begann zu brennen prompt sprang sein neuer Mitbewohner welcher seit dem ersten Abend auf einem überdimensional großen Kissen in der Nähe des Fußendes schlief auf sein Bett und streckte sich Draco hob die Hand und der Kater kam näher setzte sich nah zu ihm und ließ sich von ihm über den Kopf streicheln guten Morgen murmelte Draco räusperte sich weil seine Stimme sich schrecklich anhörte und wiederholte den Morgengruß dann nochmal vorsichtig um Jumantha nicht zu verschrecken setzte er sich auf bewegte ein wenig seine angespannten Schultern und massierte sich mit einer Hand seinen Hals und Nacken entweder es lag daran dass er sich die ganze Zeit unruhig hin und her drehte oder daran dass sein Kopf schmerzte und sich dadurch sein ganzer Rücken verspannte aber das beste daran war dass er gleich seinen Trank nehmen könnte und der Schmerz im Kopf sowie Nacken und Schulter verblassen würde er schlüpfte unter seinem warmen Umhang griff seinen Zauberstab und ging ins Bad sein erster Gang war zu dem kleinen Schränkchen in welchem er seine Tränke verwahrte seinem großen Ganzkörperspiegel gönnte er keinen Blick er hatte ihn blind gezaubert sodass er nichts mehr widerspiegelte und nun nur noch aussah wie ein milchiges Glas wenn er mal wieder Zeit hatte und muße dann würde er ihn entfernen aber nicht heute morgen heute war endlich wieder Montag und nachdem er schon ein Wochenende lang alleine im Männer gesessen hatte freute er sich auf die Arbeit den ganzen Samstag und Sonntag hat er nichts anderes gemacht als verschiedenste Pflanzen und Tierteile klein zu schneiden und sie dann in einen Topf zu werfen und nun hatte er wieder alle wichtigen Tränke auf Lager so lange wie sie eben haltbar waren aber es gab ja noch das nächste Wochenende und das darauf und das darauf er strich über die sauber beschrifteten und einsortierten Tränke durch einen immerwährenden Zauber lagerten sie schlecht werden selbst wenn Draco ein Lagerfeuer darunter entzünden würde alle Flaschen waren portioniert ihre Wirkung reichte für exakt zwölf Stunden es war nicht schwierig Tränke über einen längeren Zeitraum wirken zu lassen man musste nur wissen welche Zusätze die Aufnahme in das Blut verzögerte als erstes nahm sich Draco einen schmerzdennernen Trank es lief ihm eiskalt den Rücken runter denn es schmeckte als ob er sich alle Kräuter zum Kochen aus der Küche auf einmal den Mund gestopft hätte er kniff die Augen zusammen zog die Stirn kraus und stellte die Flasche auf dem Regalbrett ab welches er extra dafür angebracht hatte seine Elfe würde später die leeren Fläschchen abholen und wieder in seinem eigenen kleinen Labor verstauen einen Augenblick lang wartete Draco noch auf Es waren nicht die üblichen Kopfschmerzen auch keine Migräne die ihn quälte sondern ein dumpfer Schmerz als ob etwas hinter seiner Stirn saß und die Innenseite seines Kopfes blutig kratzen würde Seit einer Woche nahm er diese Tränke nun und dieser war mit Abstand der beste und wirkungsvollste und der Satz dass die Tränke desto effektiver waren je ekliger sie schmeckten stimmte Erkungs und ein Aufpäppeltrank Mit dem Geschmack von den verschiedensten Tränken auf der Zunge ging er sich lange und ausgiebig duschen Nackt und noch immer voller Wassertropfen trat er vor sein Zeitbord Mit einem Zauber entfernte er die beschlagene Schicht vor dem Spiegel und musterte sein Gesicht Nur sehr kurz dann wandte er rasch wieder den Blick ab trocknete sich mechanisch füllte seine Haare Unsicher sah er sich im Spiegel an und betrachtete seine Haut Er wirkte ein wenig blasser aber das lag sicher nur an dem Licht welches hier im Bad herrschte Mit den Fingerspitzen fuhr er sich unter den Augen entlang Er hatte ziemlich blaue Ringe Zwar war er immer sehr hellhäutig gewesen aber noch nie war die Verfärbung so stark Leise säufzte er auf nahm wieder seinen Zauberstab zur Hand und richtete ihn auf seine Nase gelassen betrachtete er wie seine Haut wieder den blassen adigen Ton annahm und die blauen Ringe verschwanden guten Morgen Mr. Malfoy Sir begrüßte ihn seine kleine Hauselfe und schenkte ihm rasch Kaffee ein so wie Draco ihn seit neuesten mochte so stark dass er widerlich schmeckte Draco hatte den Eindruck dass sie den ersten gewonnenen Kaffee noch einmal durch ein Kaffee Filter goss dass er so stark wurde oder wie auch immer sie das anstellte noch nie in seinem Leben hatte er Kaffee gekocht und er würde es auch nie tun daher war es ihm egal ohne auf das kleine Wesen neben sich zu achten nahm er sich einen gebutterten Toast bestrich ihn daumendick mit Marmelade belud ihn mit fünf Scheiben Schinken legte noch mal fünf Scheiben Käse darauf und bis hinein es schmeckte wie es sich anhörte widerlich aber das konnte Draco noch schmecken alles andere schmeckte wie Pappe oder Holz oder sonst was mit was Draco das abartige Gefühl in seinem Mund in Verbindung brachte zwischen süßen wie salzigen konnte er nicht mehr unterscheiden es war als ob seine Nase der unter einer Grippe litt nur mit dem einen Unterschied dass seine Zunge und seinen Gaumen eben noch die Geschmacksrichtung widerlich erkennen konnten angestrengt kaut Draco den Bissen durch und wirkte ihn dann herunter doch ehe er sich an den nächsten Bissen wagte atmete er tief durch uninteressiert betrachtete er das Stück Toast in seiner Hand sah die Marmelade welche auf den Teller tropfte und scherte sich nicht darum diese Scheibe hatte das wusste er samt dem Belag genug Kalorien um ihn wenigstens bis zum Mittagessen durchzubringen also aß er es je schneller er das Zeug in den Mund gestopft hatte desto besser der zweite Bissen war noch schlimmer als der erste weil er wusste auf was er sich ein ließ und ehe er einen dritten zu sich nehmen konnte wirkte er trocken hustete und legte das angebissen Stück auf den Teller fahrig wischte er seine verklebten Hände an seiner Serviette ab und griff dann mit bebenden Fingern nach seiner Kaffeetasse noch mehr durfte er nicht abnehmen nie war er dick oder gar rund gewesen aber in dem Monat in welchem er ohne zu wissen warum von den Entzugsproblem gequält worden war und in der darauf folgenden emotional anstrengenden Zeit hatte er rapide 10 Kilo abgenommen und in den nachkommenden Wochen hatte er das fast wieder aufgeholt er hatte schließlich viel Zeit damit verbracht Zeitung zu lesen und sich an einem reich gedeckten Frühstückstisch zu bedienen und abends hatte er zu fettiges und reichhaltiges Muggelessen kennengelernt wenn man sich genauer überlegte dass diese ganzen Speisen aus Italien stammten mussten doch alle dort lebenden Menschen fett sein nur Pizza und Nudeln machten auf Dauer einfach rund und nun schaffte er keinen halben Toast Teil 22 Dweco strich mit dem Handrücken über die Oberlippe auf welcher sich ein wenig Schweiß gesammelt hatte es war warm neben dem Kessel und er schwitzte prüfend atmete er tief ein und roch den typischen Geruch nach Blut und Zedernholz welcher dem Kessel entstieg er schien alles richtig gemacht zu haben zufrieden erlaubte er sich kurz zu lächeln und füllte deinen Trank mit einem Schwenk seines Stabes in eine Flasche ab und ließ sie nachdem er den Bestellzettel daran gepinnt hatte in das leere Regal schweben Muff Loi fragte Mr. Underwood ihn gehst du jetzt auch Mittag machen Dweco erhob überrascht den Kopf und blickte sich um seine Mitarbeiter waren beide schon weg er hatte sie nicht gehen gehört nein danke Sir er deutete auf seine Flasche voll mit Kaffee ich hatte zu viel davon Junge das Zeug ist aber auf Dauer nicht gesund das weißt du du musst was richtiges essen ja Sir Dweco mischte gerade Einhornblut mit Käfer Augen konzentriert verrührte er es und gab es dann in ein kleines Sieb als sich das silberne Blut dunkelviolett färbte dabei zusehend wie die Flüssigkeit langsam durch die feinen Maschen des Siebes sickerte griff er blind nach seiner Kaffeetasse als seine Lippen den Tassenrand berührten vernahm er ein leises Kichern zu seiner Rechten und er starrte in seiner Tasse schwamm etwas das verdammt lebendig aussah und so gar nichts in seinem Trinken verloren hatte er wirbelte herum und fixierte den Verschnitt welcher ihn mit glänzenden Augen beobachtete noch ehe dieser reagieren konnte schnellte Dracos Hand vor und er schmiss die Tasse nach dem Hufflepuff dieser gab einen überraschten Ton von sich duckte sich unter dem Wurf Geschoss weg und seine Finger glitten suchend über das Holz seines Tisches welcher ein wenig unter Kaffee stand Draco war schneller mit einem kleinen Wink flog der Zauberstab von seinem Kollegen durch den Raum und landete unter einem Schrank nur entfernt bemerkte Draco wie es sehr viel dunkler im Raum wurde wie durch einen nicht vorhandenen Windhauch die Zutaten neben ihm vom Tisch gefegt wurden Draco lächelte nur und hob seine Hand mit seinem Stab was ich euch schon immer sagen wollte begann er ruhig und seine Finger der linken Hand fuhren liebevoll über das Holz dann schnippte er ohne auch nur hinzusehen der Pickel fresse den Stab aus der Hand welchen dieser zitternd auf ihn gerichtet hatte in diesem Stab befindet sich eines meiner Haare wisst ihr wie unglaublich mächtig mich das macht schnurrte er zufrieden und beobachtete wie die beiden verängstigt zurück wichen und Draco nicht aus den Augen ließen ich könnte euch beiden in nur einer Minute so viele Flüche auf den Hals hexen dass die heiler Jahre brauchen um alle Schäden zu entfernen sprach er weiter und mit seinem Zeigefinger tippte er gegen die Spitze seines Stabes deswegen frage ich mich auch ständig er richtete seinen eisigen Blick auf die beiden verängstigten Gestalten wie er gerade auf seine Mitarbeiter wirken musste war ihm klar die Macht welche er hatte spürte er deutlich in seinem Körper pulsieren er hatte den unglaublichen Wunsch sich auf die beiden zu stürzen und ihnen weh zu tun nicht mal mit einem Zauber sondern ganz auf die Muggel beziehungsweise Mutationsart ihnen ihre kleinen Herzen raus zu reißen für sich selber hörte sich das schon barbarisch an aber befriedigen würde als die beiden tot vor sich auf dem Boden liegen zu sehen warum reizt ihr mich warum versuchen wir nicht alle drei wieder so zu tun als ob der andere nicht da wäre ich mache den besseren Job von uns dreien ich werde weiterhin bevorzugt und ihr beide erzählt euch gegenseitig wie groß doch eure Eier sind lächelnd beobachtete er wie die beiden sich aneinander klammerten und ihn panisch anstarten dracos lächeln wurde breiter und er legte den kopf minimal nach rechts er wusste schon den ersten fluch und wollte dann alles mit einem sektum sembra toppen wenn sie genug geblutet hatten würde er sie vielleicht teilen auch wenn er das eigentlich nicht im bereich des möglichen sah ma floi draco schrag zusammen und sofort wurde es merklich heller und der leichte windtauch verschwand sofort senkte er seinen zauberstab und machte einen schritt nach hinten was ist hier los fragte der alte man ein wenig außer puste und blickte von draco zu den beiden anderen draco richtete seinen stab verstohlen auf die tasse und das krabbeltier welches sich augenblicklich in luft auflöste nichts Sir Mr. Underwood blickte ihn verdutzt an und dann wurde er schon von Hufflepuff bestürmt der Todesser hat uns sagen sie nicht dieses wort in meinem laden romän wies der alte mann seinen mitarbeiter scharf zurecht aber Sir das ist er und noch dazu eine dreckige kleine begann nun das arme paradies begeistert auf seinen arbeitgeber einzureden um seinen chef darauf aufmerksam zu machen wen er eigentlich eingestellt hatte Mr. Haarwelle stilte damit unfokussiert in der Luft wagen sie es nicht Mr. Muffloy so zu nennen egal was er ist und was nicht was er getan oder nicht getan hat geht sie und mich nichts an er ist freigesprochen worden und das alleine zählt wagen sie es also nicht ihn in meinem geschäft zu diskriminieren sollte ich sowas noch ein einziges mal mitbekommen dass sie sich auch nur eine kleinigkeit zu schulden lassen kommen dann werde ich sie fristlos kündigen trotz seines alters wirbelte er erstaunlich leichtfüßig herum und deutete mit seinem stab auf den verschnitt das gleiche gilt für sie ich beurteile meine tränkemeister danach wie sie ihre arbeit machen und Mr. Muffloy ist der beste von ihnen er könnte mit verbundenen Augenbrauen und liefert dann immer noch eine bessere Qualität ab als sie beide zusammen wenn sie ihn noch einmal in irgendeiner Weise verbal oder körperlich bedrohen sollten dann zeige ich sie beiden an ehe er Draco abermals zunickte warf er den beiden einen letzten mahnenden und straffenden Blick zu Draco der den Monolog seines Arbeitgebers still mitverfolgt hatte spürte wie ihm innerlich legten wenigstens einer stand hinter ihm Hufflepuff und der Verschnitt klauten ihre Stäbe vom Boden auf bzw. angelten unter den Schränken und schlichen mit angezogenen Schwänzen zurück an ihre Tische sie ordneten ihre Zutaten und auch Draco kontrollierte das Sieb und den Inhalt des Glases welches inzwischen voll war mit dem gemischten Einhornblut ich heiße Hawell nicht Haarwelle murrte die Pickelfresse leise und zum ersten Mal seit einer Woche konnte Draco zufrieden grinsen An diesem Abend wie an allen Abenden davor wurde Draco von seinem neuen Mitbewohner empfangen Der Kater kam die breite Eingangstrempe herunter und schmiegte sich schnurrend an Dracos Beine Guten Abend sagte er leise zu dem Kater ging dabei in die Hocke und kraute ihn sanft unter dem Kinn was ihm ein lautes Schnurren bescherte Hast du die Gnome im Garten auf Trab gehalten? fragte er den Kater weiter reichte seine Haushälfe seinen Mantel und ging dann mit Jumenta auf den Fersen ins Esszimmer um sich ein wenig Nahrung runter zu würgen An diesem Abend schlief Dweck mit aufgeschlagenem Buch auf seinen Oberschenkeln ein In der letzten Woche hatte er versucht zu lesen aber die Buchstaben waren ihm immer wieder vor den Augen verschwommen sodass er es aufgegeben hatte und stattdessen seinem Kater durch das Fell gefahren war und dabei in die Flammen gestarrt hatte exakt so wie es die dämlichen Gryffindors machten Wach wurde er circa zwei Stunden Im Kamin brannte ein helles Feuer und ihm war angenehm warm Mit den Handballen rieb er sich gehend über die Augen Dann stand er auf um sich fertig für das Bett zu machen Er duschte sich ausgiebig nahm den Zauber von seinem Gesicht ohne sich selber dabei anzuschauen und trank dann einen Schlaftrunk um seinen Körper zu ein wenig Schlaf zu nötigen Teil 23 Nun war es zwei Wochen her dass er alleine war und sein Frühstück wieder im Männa ein Wie jeden Morgen bzw. den frühen Morgenstunden lag Dweco wach und wälzte sich durch sein Bett Noch mehr Schlaftränke durfte er seinem Körper nicht antun Einmal hatte er sich übergeben als er kurz nacheinander vier Stück getrunken hatte Also musste er seinen Konsum konsequent auf zwei begrenzt halten und einen dritten erst dann nehmen wenn er wieder zu früh wach wurde Allerdings nutzte dieser nicht wirklich etwas außer dass Dweco kurzzeitig die Augen zu fehlen Aber das war besser als nichts Wie jeden Morgen nahm Dweco seine Tränke wiederholte sein Waschritual und ließ die Anzeichen von schlaflosen Nächten aus seinem Gesicht verschwinden nervenden und starken Schmerz zwischen seinen Augen Einheit gebieten zu können Einen weiteren würde er eine Mittagspause nehmen müssen Als ihm die Fiole ironischerweise die mit dem Stärkungstrank durch die Finger rutschte fluchte Dweco lauthals und sprang zurück Murren ging er in die Hocke um die gröbsten Splitter wieder aufzusammeln Kurz verschwamm die Sicht als er seinen Körper zu schnell bewegte Er zog Dweco begann wieder zu fluchen Er war ein verdammter Zauberer und dazu noch ein Reinblüter Entweder er säuberte den Boden mit einem Spruch oder er schickte seine Elfe Wütend auf sich selber nuckelte er an seinen Finger und betrachtete dann die Scherben in welchen er kniete ehe er langsam seinen Finger zwischen seinen Lippen hervorzog Sein Blick litt von seinem leicht blutenden Finger hin zu seiner Handfläche und dann zu seiner Arminnenseite Er sah die blauen Linien welche sich deutlich unter der blassen Haut abzeichneten Der Schnitt an seinem Finger blutete heftig lief ihm über den Finger und sammelte sich dann in der Hand Innenfläche Kein einziges Mal hatte er an Selbstmord gedacht Malfoys und er gehörte zu dieser alten und ehrbaren Blutlinie starben nicht Er stickt mit einer dicken blauen Zunge aus dem Mund hängt von der Decke baumelnd Genauso wenig kam der Sturz aus einem Fenster in Frage Man würde seine Leiche vom Boden kratzen müssen und er wollte sicher nicht als Fleischhaufen beerdigt werden Etwas ganz anderes war es bei Tränken Ein einfaches äußerst tödliches Gift konnte er sich mit Leichtigkeit besorgen oder es selbst brauen und dieses zu sich nehmen Aber Draco war nicht dumm Ihm war bewusst was Gifte mit dem Körper machten Sie zerfraßen die Organe von innen und das war schmerzhafter als der Kuciatus und mit diesem hatte Draco schon zu Genüge Bekanntschaft gemacht Langsam hob Draco den Arm betrachtete den Tropfen Blut wie er ihm über die Haut ran und dann fixierte er die Scherben um sich herum In Gedanken versunken streckte er die unverletzte Hand nach einem Splitter aus Ein leises Mauzen und ein leises Kratzen vor der Tür rief ihn aus seiner Starre Kurz ließ er den Tropfen hängen atmete tief durch und rief dann Ich bin gleich da du Rindvieh Muff Loi empfing Mr. Underwood ihn Jeden Morgen fing er ihn ab musterte ihn kurz besorgt und dann sagte er vergnügt Wenn wir weiterhin so einen Umsatz machen dann gibt es dieses Jahr eine Bonuszahlung Desinteressiert lächelte Draco und griff sich seine erste Bestellung während sein Chef Belanglosigkeiten von sich gab Eigentlich wartete Draco nur darauf dass Mr. Underwood ihn endlich das fragte weswegen er hier hinten stand und auf ihn einschwatzte Muff Loi Ist alles okay bei dir? Brauchst du bekommen? Exakt so oder so ähnlich lautete jeder Abschlusssatz des alten Mannes und dabei sah er Draco so besorgt an als ob er sein eigenes Kind wäre Diese Anteilnahme rührte ihn denn der alte leicht senile Mann war der einzige der sich noch für ihn interessierte Danke Sir aber ich würde gerne einfach nur meine Arbeit machen falls ich etwas Zeit brauchen sollte dann wende ich mich vertrauensvoll So oder so ähnlich lautete Dracos tägliche Antwort Seine Mitarbeiter schnitten Draco Sie sprachen kein Wort mit ihm sahen ihn nicht an beachteten ihn nicht also war alles beim alten auch wenn Draco glaubte die einen oder anderen Blicke von den beiden zu bemerken teils so feindlich dass es so aussah als ob sie gleich ihre Messersammlung verzaubern und auf Draco hetzen wollten und dann wieder so ängstlich dass sie zusammenschreckten wenn Draco eine hektische Bewegung machte Draco betrachtete den Trank den er brauen sollte und las sich stumpf die Anweisungen durch ehe er diese begann auszuführen als er anfing den Knötterich zu bearbeiten hatte er schon wieder vergessen was für ein Trank er da braute ihm war es auch ziemlich egal solange er keine Fehler machte also schnitt er das Kraut klein so wie es in seinem Buch verlangt wurde vor einigen abenden hatte er einen schwierigen Trank gebraut mit welchen er zu spät angefangen hatte als dass er pünktlich zum Feierabend fertig geworden wäre mr underwood hatte die konsistenz des trankes mit einem langen schöpflöffel überprüft ich würde gerne die halbe stunde länger bleiben und den trank fertig stellen sir mr underwood hatte ihn zweifelnd angeschaut und dann war sein blick zu der uhr gehuscht ich würde dir helfen maffloy aber meine enkelin wird heute fünf und ich habe versprochen ihr noch ihr geschenk vorbeizubringen daraufhin hatte sich ein müdes lächeln auf dracos lippen geschlichen dann sollten sie sie nicht warten lassen mr underwood hatte leise vor sich hingemurmelt und dann draco zugenickt du kennst die verschluss und schützzauber machen nicht zu lange wir sehen uns dann morgen den trank hatte draco schnell fertig gebraut und dann seinen arbeitsplatz gesäubert ehe er sich sein umangegriffen hatte dann war er stehen geblieben es war erst 17 30 gewesen was hätte er an diesem abend machen sollen er hätte so oder so nur wieder alleine vor seinem kamin feuer gesessen und schulmantel über dem kopf gestreichelt ehe er sich schlaflos durch die kissen gewälzt hätte zudem wurden die kopfschmerzen schlimmer wenn er nichts tat also am nächsten tag zu braun gewesen wäre diesen trank hatte er noch rasch gemacht der darauf folgende hat über nacht ziehen müssen so hatte er diesen auch noch angesetzt ehe er sich den nächsten genommen hatte wenn er ehrlich gewesen war war das die beste nacht die er seit zwei wochen gehabt hatte er hatte nicht denken müssen sondern hatte einfach der beschreibung folgen müssen niemand hat ihn gestört oder ihn seine hauselfe war nicht da gewesen welche ihn immer wieder anblickte als ob er gleich aufsprang sich die klamotten vom leib riss und dann die möbel kurz und klein schlagen würde hier hat er sich sehr viel wohler gefühlt erst als Lacey gegen 7.30 neben ihm erschienen war war Dweco klar geworden dass er die ganze Nacht Tränke gebraut hatte die kleine Elfe hatte ihm scheu seine Tränke gebracht ohne die er den Tag nicht überstehen würde sie hatte seine Flasche voll mit starkem Kaffee erneuert und während Dweco das übliche Toastbrot gegessen hatte hatte sie den Zauber in Dwecos Gesicht aufgefrischt eine halbe Stunde später war Mr. Underwood durch die Hintertür getreten verdutzt hatte Dweco gemustert dann war sein Blick zu den ganzen versandfertigen Flaschen gewandert Muffloy warst du etwa die ganze Nacht hier Dweco hatte gelogen nein Sir ich war zu Hause bin aber ziemlich früh wieder wach geworden ich wusste nicht dass es sich stört aber mir ist die Decke auf den Kopf gefallen und hier kann ich das tun was mir Spaß macht Mr. Underwoods Blick war wieder über die ganzen Flaschen und Fiolen gewandert und ihm hatte ins Auge springen müssen dass Dweco niemals alles in ein paar Stunden geschafft hatte aber er sagte nichts weiter dazu und nachdem er von seiner Enkelin und der rosa Torte erzählt hatte hatte er wieder gefragt ob Dweco einige Tage Freizeit brauchte was dieser Danken verneint hatte Muffloy langsam schüttete Dweco die letzten Zutaten in den Kessel sah hoch und blinzelte seinen Chef an Ja Sir Pause Sir ich habe keinen Der alte Mann winkte fröhlich ab und schob Dweco eine Schüssel voll mit Lasagne hin Meine Frau hat übertrieben Sie hat einen neuen Kochzauber ausprobiert und sich dabei mächtig in Mengen der Zutaten vertan Ist ruhig auf Er beugte sich näher zu ihm Ich kann es nicht mehr sehen Seit drei Tagen gibt es morgens mittags und abends Lasagne Also tu mir den Gefallen und ist das alles für mich ja fragte er nach zwinkerte und stufte dann wieder aus dem Raum Obwohl Dweco es nicht glauben konnte wirkte er alles aus der Schüssel runter und Mr. Underwood strahlte ihn danach an Ich danke dir Muffloy Du ersparst mir dadurch eine ganze Lasagne Mahlzeit Ich vermisse die Butterbrote die sie mir sonst immer macht Das Erlog wusste Dweco Es war 16 Uhr als Dweco sich sein letztes Rezept für heute nahm Immer wieder flogen neue Zettel durch die offene Tür hinein und ordneten sich selber nach Tränke in dem kleinen Stapel ein Den welchen Dweco sich gerade gegriffen hatte war gerade erst durch die Tür geflattert und hatte sich oben aufgelegt Hieß dass jemand mehr zahlte um seine bestellten Tränke schneller zu bekommen konnte er oder sie haben ein Schrumpeltrank stand ganz oben auf dem Pergament und Dweco begann diesen zu brauen er schnitt Gänseblümchen Wurzeln so fein wie es sein Messer eben zuließ vermengte sie mit den ebenfalls gut klein gehackten Schrumpelfeigen und erhitzte in der gleichen Zeit die Rattenmilz mit den kleinen geschnittenen Raupen wer zahlte extra für einen unsinnigen Schrumpeltrank das interessiert zuckte Draco mit den Schultern und bewegte sich ein wenig das seine Verspannung nachließ und gab ein wenig Blutegelsaft hinzu während er dem Trank beim Wechseln der Konsistenz und der Farbe zusah als er einen Blick auf die Bestellung warf war noch ein weiterer Trank aufgeführt auch dieser war ein leichtes für ihn ein schwangerschaftsförderner Trank war nicht sonderlich schwierig herzustellen vor allem war es ein es pushte den ganzen weiblichen Körper und ließ ihn ohne ihm zu schaden auf Hochtouren laufen oder um es schlicht zu sagen der Trank trat den Hormonen in den nicht vorhandenen Hintern seine Mundwinkel zuckten leicht als er einige Samen unter das Gebräu rührte der Mann dieser Frau konnte einem leid tun seine Frau würde nach dem Einnehmen dieses Trankes ein emotionales Frack sein ihre emotionalen Umschwünge würden legendär werden aber dafür würde sie nicht in allzu ferner Zukunft ein Kind in die Welt setzen und jedes Kind das geboren wurde erhielt die Zauberergesellschaft vor allem wenn zwei alteingesessene Familien sich kreuzten niemals würde er fordern dass Kinder abgetrieben wurden welche magisches Blut in sich trugen für ihn gab es eine klare Rangordnung ganz oben standen die reinbütigen Zauberer so wie er als zweites kamen die Mischlingskinder ein Frevel aber was sollte man machen als drittes ganz klar die Schlammblüter und als letztes waren da die Muggel aber nichts des trotz gab es so wenig Zauberer und wenn ein magisches Kind getötet wurde dann war das ein Verlust für die gesamte Zauberer Gemeinschaft ein Mischlingskind würde der Gesellschaft niemals so von Nutzen sein wie ein reinmütiger Zauberer da ihr Magielevel sehr viel niedriger war aber ein Kind aus zwei mehr oder weniger reinmütigen Familien durfte nicht angefasst werden den Zaubertrank schöpfte Draco in eine bauchige Flasche etikettierte sie und ließ sie in die dafür vorgesehene Kiste fliegen er überflog die Bestellung und fügte dann noch die drei extra georderten Zutaten hinzu Bergtollwimpern Hasenzähne sowie Klee hatten sie immer auf Lager es gab viele Zauberer die sich die Tränke kauften aber die einfachen selber zu Hause mixten und wenn man sich schon einen Trank bestellte dann gab man am besten gleich alles auf und sparte damit die Kosten für eine Eule oder die Zeit selber in die Winkelgasse flohen zu müssen Sein Tisch war schnell von den nicht verbrauchten Stellungen aber bevor er auch nur daran denken konnte sich noch einen Zettel zu nehmen trat Mr. Underwood an seinen Tisch und stellte die Kiste vor ihm ab welche Draco gerade gepackt hatte Muffloy wärst du so gut und bringst diese Kiste rasch zum Kunden in fünf Minuten hast du eh Feierabend die ganzen Eulen sind unterwegs und heute Abend soll es stürmen ich will nicht dass die Flaschen zerbrechen der alte Mann wollte ihn aus dem Laden haben das wusste Draco nicht dass er noch eine Nachtschicht einlegte ja Sir natürlich Draco stand auf streckte sich ein wenig ungelenk und nahm sich dann seinen Mantel er mit dem Paket bewaffnet auf die Straße trat so schnell wie möglich würde er das Paket abgeben und sich dann auf seine Couch verkriechen nach einem Blick auf die Adresse dass er wusste wo er hin apparieren musste legte Draco den Kopf minimal schief und kniff die Augen ein wenig zusammen er drehte das Paket zwischen seinen Händen begann zu grinsen und apparierte dann nach Hause in Smell voll Männer Teil 24 Draco betrat sein Labor und entfachte mit einem Wink seines Stabes ein Feuer unter einem Kessel Das Päckchen stellte auf den Tisch auf welchem er sonst seine Zutaten vorbereitete mit einem einfachen Messer öffnete er die Bänder mit welchem das Paket verschnürt war und nahm sich den Schrumpeltrank heraus er entkorkte ihn und schüttete den Inhalt in den Kessel aus dem Regal ließ er sich ein Mörser herbeischweben mit welchem er die Tollwimpern und die Hasenzähne zu feinem Staub Wie er es erwartet hatte färbte sich der Trank Rosa ein und es begann nach Zuckerwatte zu riechen Draco unterdrückte ein Würgen während er den Inhalt des Kessels mit einem Zauberspruch erkalten ließ und das dann vorsichtig zurück in die kleine Flasche füllte Beide Flaschen verpackte er wieder bruchsicher verschnürte das Päckchen und warf dann einen kontrollierten Blick in die spiegelnde Scheibe des Vorrats Schrankes Mit beiden Händen strich er sich durch die Haare und dann die Kleidung glatt wirkte einen erfrischenden Zauber auf seinen Körper und als letztes legte er sich sein Zauberstab an die Nasenspitze Mit geschlossenen Augen spürte er wie seine Haut zu kribbeln begann als sich die Magie wie ein Mantel über die tiefen Schatten unter seinen Augen und sein kränkliches Hautbild legte das Paket klemmte er sich unter den Arm und im hinausgehen griff er in das Glas in welchem er die Minzblätter aufbewahrte er schob sich eines davon in den Mund kaute darauf herum und schluckte es herunter als er vor dem Kamin stand er atmete tief durch hoffte dass der Kamin noch immer für ihn freigegeben war warf eine Handvoll von dem Pulver in die Flammen trat hinein und nannte sein Wunsch Ziel das Paket hielt er mit beiden Händen fest trat so würdevoll wie es nur ging aus dem Kamin und wendete sich den beiden Zauberern zu die an dem großen Esstisch saßen und anscheinend gerade mit dem Hauptgang erhielt Mr. Draco Melfers es ist Kreacher eine Ehre sie wieder hier begrüßen zu dürfen in der letzten Zeit wurde das ehrwürdige Black Haus von Blutsverrätern besudelt dabei strahlte er Draco breit an als sei ihm es immer klar gewesen dass Draco früher oder später in dem alten Haus auftauchen würde nach seiner kleinen Ansprache verneigte sich Harrys hässliche Haushelf gekonnt vor Draco ohne dass dabei die Schüssel oder die darin befindlichen Löffel ins Rutschen gerieten Draco ignorierte den kleinen Elf darf creature Mr. Malfoy Sir etwas zu trinken bringen oder ein drittes Gedeck bevor Draco antworten konnte sprang nun die Kröte auf die sich aus ihrer Schockstarre gelöst hatte erst hatte sie Draco nur verdutzt angeschaut dann war ihr Blick zu dem Elf geglitten und nun hat ihr Gesicht die gleiche Farbe wie ihre Haare entweder wegen Draco der eindeutigen Beleidigung des Elfen oder eben wegen der Mischung aus beidem das war das Gute daran dass die gesamte Rattenfamilie rothaarig war Draco wusste immer wenn er sie so weit gereizt hatte dass es nicht schlimmer ging er hatte immer den perfekten Abgleich mit ihren Haaren nein will nicht schnauzte sie den Elfen an welcher sich ihr so unwillig und langsam zudrehte dass Draco sich ein Lachen verkneifen musste ihm ging es ohne Zweifel gut so gut dass er in aller Ruhe Harrys Gesicht mustern konnte noch immer hielt dieser seine Gabel in der Luft und starrte Draco wie eine Erscheinung an seine Augen glitten über seine Kleidung zu seinem Gesicht verweilten kurz auf dem Päckchen in Dracos Fingern ehe Harrys Blick wieder zu Dracos so wie er hoffte kühlen und gefassten Zügen glitt aber so wie seine Wangen spannten schien er bereit zu grinsen er hätte seinen Auftritt besser planen sollen sich selber erstmal beruhigen und nicht so kopflos durch den Kamin stolpern sollen im Nachhinein war man immer klüger seinem Schmerz aufhalten können aber trotzdem hatte er sich hinter seiner Stirn immer so angefühlt als ob er dort eine permanent blutende Wunde hatte das Gefühl war vergleichbar mit einer Verbrennung auch wenn er seine Hände von der Kerze weg zog tat die Verbrennung noch weh aber jetzt war beides weg die Flamme sowie auch der Schmerz und noch etwas anderes war passiert als er in den Raum getreten war in welchem Harry saß er hatte den Eindruck dass sein Körper und sein Geist ein rasteten er hatte es selbst nicht bemerkt aber er war die ganze Zeit in der Schwebe gewesen diese Empfindung zu beschreiben fiel ihm unheimlich schwer vergleichbar mit dem letzten Widerstand ehe eine Tür ins Schloss fiel wenn man langsam an den Tür knauf zog und den letzten Widerwillen der Tür spürte genau an diesem Punkt hatte Draco sich befunden doch kaum hatte sein Fuß im Boden berührt war die Tür zugefallen gleichzeitig stieg ein angenehmes Gefühl in Draco hoch und nun war er sicher dass er grinste der elf blickte die Kröte einige Sekunden lang an dann neigte er den Kopf minimal verschwand aus dem Zimmer aber nicht ohne Draco noch einmal anzustrahlen und sich noch mal vor ihm zu verneigen die Kröte beugte sich über den Tisch stützte sich mit ihren Händen auf der Kante ab und blitzte Draco wütend an was machst du hier verschwinde du hast kein recht mehr hier zu sein Harry zuckte bei ihren harschen Wörtern zusammen und drehte sich ihr zu ihm schien aufzufallen dass er immer noch die Gabel Kopf ließ die Gabel auf seinen Teller fallen und sagte dann zu der Kröte Ginny bitte könntest du uns kurz alleine lassen wenn die Kröte eine echte Kröte wäre dann würde sie nun aufgehen wie Hefeteig sie stemmte die Hände in die Seiten und ihre Haare rutschten ihr über die Schulter als sie zu Harry runter sah kurz musste Draco an die Wiesel Mama denken als ihre Tochter für den Fluch welchen sie auf Draco geschossen hatte zusammen gefaltet hatte die Ähnlichkeit war verblüffend ob Harry das auch auffiel und wenn er daran dachte dann hoffentlich im Bett wenn er in dieser Situation feststellte wie ähnlich die Kröte ihrer Mutter war dann wäre es das mit der Erektion gewesen wenn Draco mal wieder einen romantischen Moment zunichte machen musste dann würde er Harry genau das fragen ich werde nicht gehen das ist nun auch mein Zuhause und ich werde mich von dem da unwirsch deutete sie auf Draco der immer noch vollkommen entspannt auf dem Teppich stand und ein breites Grinsen zur Schau trug nicht vertreiben lassen sie blickte wieder zu Draco was grinst du eigentlich so dämlich fauchte sie ihn an nun war es Harry der Aufstand und die Amphibie eindringlich ansah hör auf er ist an mich gebunden und gerade du solltest wissen wie schwer es ist wenn man nicht weiß wo man hin kann rührend wirklich warf Draco ein und trat näher an den Tisch ich will gar nicht lange stören dann könnt ihr euch weiter streiten oder küssen oder vögeln oder hochseitspläne machen oder eurem Kind Draco widelte unbestimmt in grütes richtung wie sie es eben bei ihm gemacht hatte den dämlichen Namen Lily Potter oder James Potter geben Draco sagte Harry leise und wieder musterte er seine Erscheinung nun aus der Nähe Draco wusste dass sein äußeres Perfekt war Harry konnte so lange suchen wie er wollte aber er sah immer noch genauso gut aus wie er es getan hatte als Harry ihm den Laufpass gegeben hatte genauso gesund ausgeruht und entspannt »Hey das war kein Sarkasmus das meinte ich ernst oder siehst du hier irgendwo besagte Buchstaben?« fragte Draco und stellte das Päckchen auf den Tisch mit dem leisen Klirren was aus dem Karton drang huschte Harrys sowie auch Krötes Blick zu dem Paket »Wie gesagt ich bin gleich wieder weg ich wollte dir nur eine Bestellung vorbrei bringen Jenny Begierig sah Draco zu der Kröte und er betete zu allen Göttern dass er diesen Anblick nie wieder in seinem ganzen Leben vergessen möge Sobald er zu Hause war würde er sich diese Erinnerung aus der Schläfe ziehen sie vervielfältigen und sie dann wieder und wieder ansehen Es würde seine neue Gute Nacht Lektüre werden Aufgebracht strahlte Kröte auf das Päckchen dann wieder zu Draco und sie öffnete gerade den Mund für eine harsche Erwiderung als die Erkenntnis zuschlug Ihre Augen wurden groß und sie taumelte kurz krallte sich an den Tisch fest und ließ sich dann langsam auf ihren Stuhl sinken Ginny fragte Harry besorgt und war sofort an ihrer Seite Er ging neben ihr in die Hocke und griff ihre Hand Alles okay Brauchst du was Ist dir schlecht Fast konnte Draco hören wie die kleine Kröte nachdachte und zu Harry blickte Langsam schüttete sie den Kopf Er kannte dann wohl ihre Möglichkeit welche sich ihr bot denn sie begann hektisch zu nicken du das ist mir alles zu viel kann er bitte gehen hauchte sie Harry kraftlos zu dieser sah von seiner baldigen Frau hoch zu Draco und der sah die stumme Entschuldigung in seinen grünen Augen Draco könntest du bitte gehen schreib mir was los ist okay bitte warm und verständnisvoll lächelte Draco ihn an und sah dann zu der kleinen verlogenen Kröte tut mir leid wirklich ich wollte dich nicht aus dem Gleichgewicht bringen wo du doch so schwanger bist die blasse Kröte verlor nun auch den Rest der Farbe aus ihrem Gesicht aber deswegen bin ich hier ich bringe dir deine bestellten Tränke Merlin ihr panischer Gesichtsausdruck war unbezahlbar sie wurde hektisch starrte Harry an der allerdings verdutzt Draco anblickte dann wedelte sie sich mit ihrer Hand theatrales schluft zu Harry hol mir doch bitte ein Glas Wasser mir ist nicht so gut dieser erhob sich sofort hielt aber noch Krötes Hand fest lass lenkte Draco sofort ein ich mach schon bevor Harry sich rühren konnte griff sich Draco Krötes Glas füllte es mit Wasser aus der Karaffe aber als Harry die Hand danach ausstreckte zog Draco seine zurück oh warte kurz von Harry sah er zu der Kröte und lächelte sie an du solltest den Trank jetzt gleich nehmen den du bestellt hast es ist besser wenn du den vor dem essen nimmst dass sich die Wirkung voll entfalten kann aber ihr hattet nur eine Suppe da geht das jetzt auch noch geschickt löste Draco die Knoten von den Schnüren welche sich um das Packpapier schlangen das Papier ließ er achtlos neben der Schachtel auf dem Boden liegen öffnete den Deckel und zog das Fläschchen heraus er kippte das Wasser mit den Worten die Suppe ist eh kalt in Krötes Teller und schüttelte dann den Trank in das leere Glas so hier erreichte Harry das Glas der es an die Kröte weiter gab hast du dir Stärkungstränke bestellt fragte Harry sie liebevoll und strich ihn mit dem Daumen über die Hand welche er immer noch hielt ähm ja Stärkungstränke sagte Draco an Krötes Stelle die sich heftig auf die Unterlippe biss und deren Hand so sehr zitterte dass sie das Glas kaum halten konnte trink ihn schnell deinen Stärkungstrank so heftig wie deine Hand bebt brauchst du ihn wirklich sehr sehr dringend gut dass ich noch schnell vorbeigekommen bin um ihn dir zu bringen nach einem letzten prüfenden Blick zu Krötes bebender Hand blickte Harry auf und lächelte Draco an danke sagte er dieses ehrliche lächeln erwiderte Draco mit einem wirklich breiten Strahlen Harrys Lächeln schwand und er blickte Draco verdutzt an normalerweise war Draco nicht so freizügig mit seiner guten Laune und das schien Harry ein wenig aus der Bahn zu werfen nach einem letzten verabschiedenden nicken nahm Draco die Schachtel hoch und wandte sich zum gehen nach zwei Schritten in Richtung des kamins hielt er inne und hob seinen freien arm hoch als ob er sich selber stoppen musste ich hab den zweiten Trank vergessen tut mir leid es ist schon ziemlich spät und ich hatte einen langen Tag fügte er hinzu und zuckte mit den Schultern gelassen tat er den Tisch zurück nahm Harrys Glas und trank die letzten zwei Schlücke Wein aus welche sich immer noch darin befanden wow guter Jahrgang stellte er anerkennend fest Harry folgte seinen Bewegungen mit einem ausgeprägten Stieren runzeln den zweiten rosa farbenen Trank kippte er in das leere Glas und reichte es Harry der perplex danach Griff was ist das ach das unwissen vortäuschend zuckte er mit den Schultern sah dann zur Kröte welche ihr Glas auf dem Tisch abgestellt hatte und den Kopf gesenkt hielt allerdings klammerte sie sich verzweifelt in Harrys Hand fest Ginny ich dachte dass es in deinem Interesse wäre wenn ich die drei extra georderten Zutaten gleich unter gemischt habe wo du doch schon so wahnsinnig schwanger bist wollte ich jegliche fernhalten und habe das deswegen für dich übernommen extra Zutaten fragte Harry roch an dem Trank verzog kurz das Gesicht wegen des aufdringlichen Geruchs und blickte von Draco der ihn immer noch freundlich lächelnd betrachtete zur Kröte welche ihre Hand als Vorhang benutzte dass sie niemand mehr ansehen musste was für extra Zutaten ach nichts weiter von Bedeutung ich habe aus dem Trank mit den drei extra Zutaten einen wirklich tollen Liebestrank gebraut passend zu dem Schwangerschaftstrank welche deine Angebetete gar nicht angerührt hat Ginny alles okay jetzt hatte er drei Erinnerungen welche er unbedingt behalten musste er würde sich für diese Erinnerung drei extra Violen anfertigen lassen diese würde er neben sein Bett stellen und sich immer wieder vor dem Einschlafen ansehen kurz so bei dem Blick und konnte fast sein zukünftiges Ich hinter Harry stehen sehen wie er sich das Spektakel aus einer anderen Perspektive zu Gemüte führte Da keiner etwas sagte verschenkte Draco die Arme vor der Brust und stellte sich darauf ein dass es bei Harry länger dauern würde ehe er verstehen würde was hier gerade passiert war Er konnte es nicht klickmachen hören aber Harry betrachtete Draco mit einem Stirn runzeln und öffnete seinen Mund um etwas zu sagen oder zu fragen Dann entschied er sich anders und betrachtete das Glas in seiner Hand Ohne den Blick davon zu lösen öffnete er wieder den Mund schloss ihn wieder als sein Kopf ruckartig zu Krötes unangetasteten Glas sprang Draco hörte die Wand Uhr im Nebenraum ticken und dann riss Harry seine Hand aus der von Kröte Das hatte gedauert bei Merlin Der Held hatte wirklich ein unerschüttliches Vertrauen bis zum Geht nicht mehr Nochmal betrachtete Harry das Glas in seiner Hand und ließ es dann fallen als ob ihm jetzt erst aufgehen würde dass das Glas ihn beißen könnte wenn er es weiterhin festhalten würde Draco beobachtete den größer werdenden rosa Fleck auf dem Teppich und überlegte ob die gesamte Aufmerksamkeit wieder zu sich dafür was jetzt kommen würde hatten sich zwei Wochen lange Schmerzen und Erniedrigungen gelohnt alleine dafür Teil 25 Wahrscheinlich ohne dass Harry es wollte klappte sein Mund auf er starrte seine Fast Ehefrau jetzt Ex Fast Ehefrau entsetzt an diese regte sich wieder und sah zu Harry hoch sehr langsam schubse sich die Haare aus der Stirn und rang hilflos mit den Händen nebeneinander Stimmt das fragte Harry sie ruhig Bitte Harry ich Stimmt das brüllte er sie an und Draco konnte es sich gerade noch verkneifen sich die Hände zu reiben Das würde super werden Die verlogene Kröte senkte den Blick wieder Ich ich ja fügte sie dann tonlos hinzu Aufgebracht fuhr sich Harry über das Gesicht drückte die Hand auf seinen Mund und ließ sich dann kraftlos auf einen seiner Stühle fallen Auf den Stuhl wo sonst Dwecku immer gesessen hatte Aber das war gut so Ein Möbelstück weniger das er verbrennen musste wenn er wieder hierher kam So wie den Stuhl auf welchem die Kröte saß von dem spätestens in zwei Tagen nichts mehr zu sehen sein würde Die Kröte hob den Blick wieder streckte eine Hand nach Harry aus und Draco sah wie ihr stummer Tränen über die Wange ran Harry bitte lass es mich erklären Erklären fauchte er sie an und Draco wünschte sich eine Tüte mit Popcorn welche er jetzt Geräusch vollkauen konnte die mit Zimt und Zucker welche er und Harry an einem Filmabend mal gegessen hatten köstliches Zeug Was gibt es da zu erklären du hast mich belogen Wieder sprang Harry von seinem Stuhl auf und Draco biss sich in die Unterlippe Das war besser als Sex Naja nicht sehr viel besser aber fast Ich dachte wirklich dass ich schwanger wäre Ich dachte es bis heute Morgen als ich meine Tage bekommen habe Harry ich liebe dich rückartig beugte sich Harry zu ihr runter sodass sie zusammenschreckte und er sich dabei sicher den Rücken ausgerenkt hatte Wenn du mich wirklich lieben würdest dann würdest du mich nicht in eine Beziehung mit dir zwingen wollen in welcher du Harry begann sie anzuschreien einen Liebestrank und einen Schwangerschaftstrank brauchst Viel langsamer richtete er sich wieder auf packte krötes glas und warf es gegen die wand sie schreckte zusammen und zog den kopf ein verunsichert blickte sie ihren zornigen ex fast ehemann an der sich durch die Haare fuhr und die wand mit dem grünen zaubertrank fleck anfunkelte als würde er sich wünschen dass die tapete feuer fing oder dass sich der trank ätzend durch die mauer fraß ich dachte mir wenn ich doch schwanger werde dann kann ich dir ein kind schenken ich habe auch in deinem interesse gehandelt mit ihm kannst du niemals Kinder haben und das gibt ihr das recht mir ein Liebestrank unter zu jubeln das schien nun auch Kröte zu verstehen denn sie schluckte stand nun auch auf und drang ihre Hände ineinander nein das war nicht richtig aber du wolltest immer eine Familie und er ist zum ersten mal sah sie Draco an der eine Hand hob und ihr zu zwinkerte was sie mit einem wütenden Schnauben quittierte er ist doch nur ein Todesser na Merlin sei Dank hat sie nicht Vila gesagt sonst hätte Draco ihr leider etwas antun müssen und könnte das Spektakel das ich ihm hier gerade bot nicht so genießen soll ich dir mal was sagen fauchte Harry sie an und trat zu ihr dass sich ihre Nasenspitzen fast berührten der Todesser hat mich nicht ein einziges Mal belogen gut das würde Draco nicht unterschreiben aber sein dafür fehlten ihm auch die primären Geschlechtsmerkmale einer Frau aber so pingelig wollte er jetzt selber nicht sein bei der Kröte begann nun wieder die Tränen zu kullern welche kurz ausgefallen waren als Harry den Inhalt ihres Glases zur Tapeten Verschönerung benutzt hatte Harry bitte sie legte ihre Hände auf Harrys Unterarme so würde auch dieses Oberteil den Flammen zum Opfer fallen also nicht schade drum wir sind so ein tolles Team du und ich lass es uns doch versuchen ich kann schwanger werden und wir gründen eine Familie wir beide kaum machte sie den Mund zu trat Harry einen Schritt zurück und blickte die Kröte so angewidert an als ob sie wirklich eine grün schleimige Kröte wäre du denkst doch nicht dass ich nach dieser Nummer jemals wieder mit ich bin beide geblieben weil ich dachte du bekommst ein Kind mein Kind ich hätte Draco niemals alleine gelassen wenn ich gewusst hätte dass du nicht schwanger bist pack dein Zeug und verschwinde die Kröte schniefte auf und nun begann sie erst recht zu heulen doch bei Harry schien sie es verspielt zu haben unwirsch packte er sie am arm und zog sie aus dem Zimmer Draco war ihnen dicht auf den Fersen er würde sich keine Sekunde von dem Drama das sich hier vor ihm abspielte entgehen lassen keinen Augenblick hörte Harry auf das was seine ehemalige Herzensdame von sich gab sie heulte bettelte laufend und begann sich auch nun in einer Tour zu entschuldigen im schlafzimmer riss Harry seinen Schrank auf und Draco bemerkte wie sehr sie sich hier schon eingenistet hatte die hälfte der regalböden wurde von ihrer kleidung eingenommen unter dem bett zehrte er einen alten koffer hervor öffnete ihn und begann dann achtlos die kleider von der kröte hinein zu schmeißen während sie neben ihm rotz und Wasser heulte als Harry begann auch seine Sachen kopflos mit in den koffer zu schmeißen griff Draco ein der sich entspannt an den Türrahmen gelehnt hatte Harry ich mach das hol du doch ihre Kosmetika und Cremes und sonst was aus dem Bad kurz stockte Harry und sein Blick schnellte zu Draco als ob er vergessen hätte dass er auch noch da war ja ich ja ich hole die Sachen aus Tür vergiss ihre Zahnbürste nicht Baby Doll rief Draco ihm nach und bemerkte mit Genugtuung dass beide Harry sowohl als auch Kröte erstarrten Harry verharrte kurz in der Tür ehe er weiter ging nun aber viel leiser und gesitteter auch wenn Draco ihn schimpfen hören konnte wie ein Rohrspatz ferner stockte die Kröte kurz und Draco begann nun an Harrys Stadt alles von ihr in den wieder unter einem Stapel rosa Höschen hervorgezogen hatte als Harry wieder in das Zimmer polterte war Draco gerade fertig geworden ihre Sachen zu packen und Harry ließ den Arm voll von Kosmetika darauf fallen achtlos ob auch alles richtig verschlossen war um ihre Kleidung nicht einzusauen mit einem Zauber schloss Draco den Koffer und zauberte ihn leichter hast du alles fuhr Harry die Harry ich stammelte sie wieder hegste auf und wischte sich mit ihren Händen über ihr rotes und verquollenes Gesicht wunderbar ich bring dich noch zur Tür damit wuchtete er den Koffer hoch und schleifte ihn über den Boden nach draußen die Antwort der Kröte war ein Wimmern was sich anhörte wie von einem geschlagenen Tier und ihr tränt verhangender Blick ging zu Draco dieser leutete auf die Tür nach dir ich will sicher sein dass du nichts klaust sie lief vor Zorn noch röter an und Draco stellte überrascht fest dass ihre Gesichtsfarbe noch dunkler werden konnte als ihre Haare du hast ihn nicht verdient er ist nur wegen seinem schlechten Gewissen bei dir geblieben das hat er mir gesagt zischte sie ihn an das ist gut möglich sagte Draco gelassen und beugte sich ein Stückchen zu ihr runter aber meinen Liebestrank habe ich ihm so gegeben dass er ihn nicht bemerkt hat du hörtest ihn selber braun und ihn die nicht liefern lassen sollen daraufhin begann die Kröte im ganzen Körper zu zittern und Raco richtete sich wieder zu seiner vollen Größe auf du das ist kein Scherz ich habe ihm amortentia unter gejubelt und Ginny brüllte Harry von unten und die Kröte zuckte bei dem aggressiven Ton zusammen ich denke du solltest jetzt gehen nochmal funkelte die Kröte Draco hasserfüllt an wandte sich dann um und rauschte mit so viel Würde wie sie eben noch hatte aus dem Schlafzimmer in welches sie nie wieder ein Fuß setzen würde und wenn dann nur über Dracos Leiche dieser schob seine Hände in die Hosentaschen schlenderte die Treppe hinter der Kröte hinunter er betrat gerade den Salon als Harry eine Handvoll Flohpulver in das Feuer warf und laut Fuchsbau sagte Harry stieß den Koffer in die Flammen sie würde wohl zusammen mit dem Koffer reisen Draco konnte sich vorstellen als was für ein Haufen sie aus dem anderen Kamin fallen würde dann packte er die Kröte am und seine Züge wurden viel weicher setz dich bitte ich bin gleich wieder da lass dir von Creature bringen was immer du willst als er den Kopf wieder drehte und seinen Blick Ginny streifte bekam er wieder harte Falten auf der Stirn und er presste seine Lippen zusammen er sagte nachdem er noch eine unnötige Ladung Flohpulver da das Feuer immer noch grün flack hatte in die waren sie beide weg kurz genoss Draco die Ruhe dann ließ er sich auf seinen Platz auf der Couch sinken an welchen er immer gesessen hatte kaum saß er als die Müdigkeit über ihm zusammenschlug erschöpft streckte er die Beine aus und auf einen Schlag forderte sein Körper Tribut dafür dass er seit zwei Wochen jede Nacht nicht mehr als drei höchstens vier Stunden geschlafen hatte Draco aufwachen schwach drang Haby Stimme zu ihm durch und er wollte nicht wach werden er fühlte sich schwer und müde so als hätte Harry ihn aus einer Tiefschlafphase gerissen sein Körper tat ihm weh und er wollte nur noch schlafen jemand zog ihm die Decke weg welche ihn gewärmt hatte und er erschauderte kurz wegen des kalten Luftzuges ich habe dich jetzt fünf Stunden schlafen lassen aber hier kannst du nicht bleiben hörte er Harrys leise vertraute Stimme nah bei sich kein Wunder dass ihm alles weh tat wenn er seit so vielen Stunden hier schlief die Couch war zum sitzen und nicht zum schlafen gemacht Draco konnte die Augen nicht mal öffnen selbst wenn er es versuchte glitt er immer wieder in den dämrigen Halbschlaf ab wie sollte er es schaffen nach Hause zu operieren warum ließ Harry ihn nicht einfach hier schlafen warme Hände schoben sich unter seinen Unterkörper sanft aber mit Nachdruck zog ihn Harry aus dem Sessel hoch Draco versuchte kampfhaft die Augen zu öffnen und schaffte es sogar ein wenig zu blinzeln seine Beine waren so schwer als ob sie aus Stein wären er war kaum aber ein warmer Körper hinderte ihn daran na komm benommen spürte Draco wie Harry seinen Arm um dessen Schulter legte er ihn selber unterstützend an der Seite packte während Dracos Kopf auf Harrys Schulter sank wieder schloss er teilnahmslos die Augen und ließ sich von Harry führen entfernt bemerkte er die Stufen und Harrys leise gemurmelte Wegbeschreibung ehe sie im Schlafzimmer ankam vorsichtig wurde er in das Bett sinken gelassen und dann zog Harry ihm die Decke über die Schultern nachdem Draco nur noch am Rande seines Bewusstseins mitbekommen hatte dass Harry ihn mit einem Zauber bis auf Boxershorts und das T-Shirt welches er unter seinem Hemd trug entkleidet hatte Teil 26 Seine erste Empfindung nachdem er wach wurde war dass er keine Schmerzen hatte Ungläubig dass ihn das wo es so normal sein sollte dermaßen aus der Bahn warf atmete er tief durch und wusste sofort wo er war ohne die Augen zu öffnen nur Harry roch nach einer Mischung aus Schweiß Shampoo und etwas das Draco dachte als Magie zu identifizieren und der warme Körper welcher sich an ihn schmiegte gehörte ganz sicher nicht seinem neuen Haustier dafür war Harry nicht haarig genug Draco schlug die Augen auf und blinzelte vorsichtig zu dem Helden welcher einen Arm um seine Brust gelegt hatte und friedlich mit furchtbar zerzausten Haaren neben ihm lag und ihm ins Ohr armete kurz stellte Draco erstaunt fest dass sich das sabbernde Kleinkind neben ihm wirklich jeden Morgen bemühte seine Frisur in Ordnung zu bringen oder sie wenigstens so weit zu glätten dass er nicht aussah als ob er gerade wilden Sex gehabt hatte so wie mit Kröte rückartig sah Draco gerade in dem Bett in welchem noch bis vor kurzem die ehemals zukünftige Mrs. Potter geschlafen hatte angewieder zog er mit spitzen Fingern den Bettbezug hoch betrachtete ihn der Bettwäsche mit welcher das Bett gestern Abend schon bezogen war Harry hatte sie nicht gewechselt Draco mummelte besagter verschlafener unsensibler vertrottelter Volltrottel ihm hätte es gleich seltsam vorkommen sollen dass es in dem Raum nach Vanille roch und nicht wie sonst einfach nach nichts außer Harry bei Merlin am Ende war es noch Krötes Bettwäsche welche sie mitgebracht hatte Draco wurde schlecht zu seinem endgültigen Glück fehlte nur noch dass er sich etwas einfing von Flöhn bis hin zu Krankheiten die in Bettzeug überleben konnten konnte er sich alles vorstellen so schnell er konnte befreite er sich aus dem Knäuel aus Decken welche über ihm lagen und rutschte über die Bettkante Harry hatte sich aufgesetzt rieb sich verschlafen über sein Gesicht und setzte dann seine Brille auf Dracos Hand rutschte über den Nachttisch neben ihm und seine Finger glitten über seinen Zauberstab welchen Harry dort hingelegt haben musste als er ihn ausgezogen hatte er packte ihn hob ihn hoch und er schauderte dann leicht ohne hinzusehen wusste er dass es nicht sein Stab war sondern der von Harry es war ein seltsames Gefühl ihn in der Hand zu haben als ob er in eine Schüssel vor mit Wackelpudding fasste nicht dass er das schon mal getan hätte aber er glaubte dass es sich so anfühlen musste der Stab fühlte sich fremd an als ob seine Hand eingeschlafen war und nur nicht mehr ganz zu seinem Körper gehörte aber das Stück Holz fühlte sich weniger seltsam an als das seiner Mutter oder der Stab seines Vaters es gab eine gewisse Vertrautheit noch am überlegen ob er das Bett komplett verbrennen sollte oder nur die Bettwäsche verschwinden ließ sah er Harrys alarmierten Gesichtsausdruck als sein eigener Zauberstab gegen ihn gerichtet wurde Harry schien sich nicht ganz im Klaren zu sein ob Draco es fertig bringen würde ihn zu verfluchen für alles was er sich in den letzten zwei Wochen erlaubt hatte raus aus dem Bett befahl Draco ihm während er schon den Stab durch die Luft schwang und die ersten Flammen sich an dem Bettpfosten nach oben arbeiteten Harrys Augen weiteten sich hinter den Brillengläsern und er sprang bzw. stolperte aus dem Bett fing sich dann an der Wand ab er fing die Wand seinen Körper unsanft ab so dass es einen ziemlich dumpfen Aufprall gab und drehte sich dann panisch zu Draco um Was soll das schnauzte er ihn wütend an gestikulierte zu seinem brennenden Bett Draco tippte darauf dass Harry immer noch leicht verschlafen war sonst wäre sicher schon die Hölle los Ich räume auf Nein das tust du nicht du verbrennst gerade mein Bett Draco konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen während die magischen Flammen das Holzgestell die Bettwäsche Laken und Matratzen sowie den Rost zu Staub und Asche verschwinden ließen kurz war der Raum von den Flammen hell erleuchtet Harry hob schützend die Arme vor sein Gesicht während Draco die Hitze auf seine Haut genoss denn genauso schnell wie sie das Feuer ausgebreitet hatte erlosch es wieder und die Luft war erfüllt von tanzenden Staub und Rußpartikeln Draco entfernte und diesen öffnete mit spitzen Fingern zog er einige unmögliche Kleidungsstücke heraus und warf sie hinter sich wo das alte Bett gestanden hatte einige Zeit war es erstaunlich ruhig entweder war Harry noch im Halbschlaf oder er war es gewohnt morgens geweckt zu werden um dann seinem Bett dabei zu sehen wie es in Flammen aufging ehe sein Bett genosse seinen Kleiderschrank durchwühlte Draco musste ihn nicht ansehen um zu wissen dass Harry eine tiefe Falte zwischen den Augen hatte und ihn eindeutig langsam für übergeschnappt hielt vor allem schien dem Halt aufzugehen dass Draco sich nicht nur frische Socken und ein T-Shirt raussuchte anstatt zu antworten hielt er ihm ein ausgleites T-Shirt vor die Nase welches eindeutig schon bessere Tage wenn ich sogar Jahre Draco gerade machte vollkommen verwirrt strich er sich durch seine Haare musterte Draco eingehend und schien sich wieder zu fragen ob seine Mutation noch alle Deckel auf den Kesseln hatte ein T-Shirt fragte er dann unsicher und sah zu Dracos anderer Hand in welchem dieser immer noch den Zauberstab hielt Merlin Potter das sehe ich entnervt warf er es auf dem Stapel hinter sich zwei weitere Oberteile und eine Jeans später fragte Harry wieder was machst du da Draco kurz zielt Draco inne und tippte sich nachdenklich mit dem Zauberstab gegen sein Kinn er sah wie Harry der Spitze des Stabes folgte und ihn nicht aus den Augen ließ ich habe gerade dein Bett verbrannt zu recht übrigens und jetzt zaubere ich dir ein neues hin aus meinen alten Klamotten entnervt verdrehte Draco die Augen ernsthaft auch wenn du anderes im Kopf gehabt hast als im Unterricht aufzupassen zum Beispiel meine ebenmäßige Schönheit durch den ganzen Raum zu bewundern und ja Potter das ist mir aufgefallen aber selbst dir kann auch nicht entgangen sein dass es viel einfacher ist aus mehreren Sachen etwas neues zu zaubern als nur aus einem Fussel ein weiteres T-Shirt wurde von Draco kritisch und misstrauisch beäugt das sehr schlechte Gefühl dass er es schon an Harry gesehen hatte als dieser noch zur Schule gegangen war nistete sich in ihm ein angewidert warf er es auf den Stapel hey das ist mein Lieblingst T-Shirt das habe ich schon seit sieben Jahren er schüttelte Draco vor Graus Potter sei einfach still wenn du so aber Harry unterbrach ihn aufgebracht als ein weiteres Oberteil auf dem Haufen landete das habe ich schon seit dem vierten Schuljahr das ist noch gut Harry machte anstalten einige seine Oberbekleidungen zu retten aber Draco dachte nicht daran das zuzulassen wenn du das anfasst dann wird es dich auffressen als ob es einen Zauberspruch gibt der begann Harry aber weiter kam er nicht denn sein T-Shirt sprang ihn an sobald er es mit den Fingerspitzen berührte Harry kreischte sehr unmännlich auf versuchte sich gegen sein eigenes Oberteil zu wehren welches sich eng um seinen Oberkörper wickelte und erst still hielt als Harry an der Wand lehnte und sich dort von seinem eigenen Oberteil umspannt festgehalten vorfand vollkommen mit sich und seinem Zauber zufrieden durchforstete Draco weiter Harrys Schrank Harry an der Wand wimmerte immer mal wieder leise auf als er erneut eine Hose oder eine Socke oder sonst was auf dem Haufen landete welcher immer größer wurde aber er sagte nichts mehr er hatte wohl Angst dass Draco zusätzlich noch seine Socken auf ihn hetzen könnte oh das mag ich Draco hielt ein seidenes Hemd in die Höhe welches in einem tiefen violetten Ton gehalten war wirklich fragte der bewegungslose Harry und Draco konnte ein schmunzeln nicht verkneifen als er hörte wie freudig sich dieser anhörte nein gab er dann zurück und warf das Hemd durch den Raum das nächste Stück welches Draco zwischen die Finger bekam war ein Kapuzenpulli welcher selbst für die niedrige Messlatte von Harry erbärmlich aussah nein sagte Harry sofort welcher jede Regung von Draco mit den Augen gefolgt war nicht der darin habe ich Voldemort besiegt Draco spürte sich selber leicht zusammenschrecken dann straffte er sich und während die graue Jacke durch den Raum trudelte sagte er ja und willst du ihn nochmal umbringen dass er das tun wollte hielt Draco für ausgeschlossen aber so wehmütig wie Harry seine Kleider anschaute und wie hasser erfüllt er Draco musterte ging er stark davon aus dass Harry ihn gerade einen Kopf kürzer machen würde der Held schien entweder shoppen zu hassen oder er wollte kein geld ausgeben im stillen dankte er seinem vater von welchem er den Kleider fesselspruch gelernt hatte mit welchem Harry an die wand gebunden war naja nicht wirklich gelernt aber wenn man mehrere stunden lang bewegungslos an die wand gefesselt war kannte man den entsprechenden spruch ziemlich schnell nicht das riss Harry Draco aus seinen gedanken das hat Ginny mir geschenkt oh ach so Draco legte den Umhang zur Seite und durchsuchte dann weiter den Schrank bis er mit den Kleidern zufrieden war welche nun sehr spärlich in dem großen Schrank lagen was ist denn noch von ihr Harry legte mit dem Kinn auf zwei weitere Pullover einen Umhang und einen Schal welchen Draco für würdig erachtet hatte nicht zu einem Kissen zu werden Draco nickte bedacht nahm die Sachen dann hoch und ließ sie ebenfalls auf den Haufen fallen Draco sagte Harry langsam als er sah dass die Geschenke seiner Ex auf dem Stoff Haufen landeten er Harry fragte Draco nach während er mit dem Stab durch die Luft fuhr und die ersten Flammen sich durch die sagte Harry alarmiert falscher Zauberspruch versuchte er es dann und nickte mit dem Kinn aufgebracht in Richtung des Bodens ups unschuldig zuckte er mit den Schultern und kam dann langsam auf Harry zu Draco lächelte ihn warm an was Harry nur dazu brachte heftig zu schlucken und den Blick von dem hell erluderten Stapel zu nehmen welcher mal seine Kleidung gewesen war Wenn Draco gute Laune hatte bedeutete das nicht immer etwas Gutes und das musste selbst dem kleinen Held langsam aufgehen Sollte ich noch irgendetwas von der Kröte hier finden dann schicke ich es ihr selbstverständlich gerne zu Oh oder ich verwandle es in einen knallrüpfigen Kröter welcher ihr in den Hintern beißt Ich bin mir noch nicht sicher was ich dann tun werde aber ich ins Bad immer noch mit Harry Stab in seiner Hand Teil 27 Tun wir jetzt einfach so als ob nichts passiert wäre fragte Harry nach guten zehn Minuten in welcher jeder hinter seiner eigenen Zeitung versteckt saß und ihr eigenes Frühstück verspeiste genau davor hatte Draco sich den ganzen Morgen gefürchtet dass es jetzt zu der großen Aussprache kam konnten sie das nicht einfach überspringen Draco war klar dass er Harry nicht mal im Ansatz das bedeutete was die Kröte für ihn war der Held liebte die Kröte oder hatte sie wenigstens geliebt Harry war wegen einem schlechten Gewissen bei ihm wegen nichts anderem und das wusste Draco auf romantische Gefühle konnte er bei Harry vergeblich hoffen auch wusste er dass er Harrys Charme ausnutzte aber was sollte als auf Harrys Helden und Helfer Komplex zu setzen eifersüchtig war er nicht aber es machte ihn krank dass die Kröte hier gesessen hatte mit Harry gesprochen ihn geküsst und angefasst hatte sein Magen rotierte wenn er sich vor Augen führte dass sie es war bei welcher er geblieben war ohne auch nur eine Sekunde einen Gedanken an Draco verschwendet zu haben vielleicht hatte er an Draco gedacht sich dann aber für seine Liebe und damit für Kröte entschieden Draco seufzte theatralisch auf fegte sich einen Krümel von seiner Brust und blickte Harry dann stumm an ich meine machen wir jetzt einfach weiter sollten wir das nicht tun fragte Draco ihn gelassen und verschränkte seine Finger aneinander Harry dachte einige Augenblicke darüber nach und musterte Draco noch mal eingehend aber Draco war klar dass Harry nichts erkennen konnte er hatte seinen Anzug mit einem einfachen Spruch gereinigt und dann einen Zauber auf sein Gesicht gelegt auch wenn er so lange geschlafen hatte hatte er immer noch rote Flecken im Gesicht und seine Augenringe waren weiterhin vorhanden es scheint dir wirklich nichts ausgemacht zu haben stellte Harry dann fest irgendwie hörte er sich enttäuscht an oh anfangs schon ich war ziemlich niedergeschlagen dass ich keinen Sex mehr haben würde bis mir aufgegangen ist dass ich nur keinen Sex mehr mit Frauen haben kann bei Männern ist kein Problem Harrys Augen weiteten sich minimal dann betrachtete er desinteressiert einen Fleck auf seinem Oberteil zu diesem sagte er auch ich dachte dass du keinen anderen außer mir haben kannst das stand so in den Büchern ich denke dass deine Bücher Schrott sind mein Hintern weiß es besser die Finger welche den Fleck inspizierten stockten kurz und Harry lenzte zu Draco hoch es geht mich zwar nichts an aber er ließ den Satz in der Luft schweben du willst wissen wie viele drei und am Wochenende treffe ich mich noch mit einem jungen Zauberer welchen ich über die Arbeit kennengelernt habe er sah wie Harry heftig schluckte und dann legte sich etwas über sein Gesicht das man nur als stürmische Eifersucht bezeichnen konnte sagst du ihm ab das war eigentlich keine Frage auch wenn Harry sie als solch gestellt hatte nahm Draco doch den befehlenden Unterton wahr überrascht zog er eine Augenbraue nach oben zum einem glaubte er ihm diesen Mist auch noch und zum anderen war er scheinbar so eifersüchtig dass er am liebsten den Unbekannten erdrosseln würde so wie er seinen Stab zwischen seinen Fingern in aller Ruhe trank Draco einen Schluck Kaffee genoss das süßliche und herbe Aroma auf seiner Zunge bemerkte wie sehr er es vermisst hatte und blickte erst dann wieder zu Harry der nicht aufhörte seinen Zauberstab über den Tisch hin und her zu kullern hör auf mir Befehle zu geben ich mag das nicht wieder schluckte Harry und senkte den Blick leise nuschelte er eine Entschuldigung und Draco nickte ihm gönnerhaft zu und was glaubst du eigentlich du darfst deine kleine Blutsverräterin ficken und ich darf mich nicht anderweitig umsehen rückartig hob Harry den Kopf und sagte dann ich bin nicht schwul Draco etwas besseres als was fiel Draco nicht ein ich bin nicht schwul wiederholte Harry nochmals Draco war am überlegen ob er ihm mitteilen sollte dass er Eier hatte und Harry ihn ziemlich gerne vernaschte aber schwieg dazu und zog wartend eine Augenbraue in die Höhe ich habe mit Ginny geschlafen Draco überlegte sich ob ihm so übel war dass er sich erbrechen musste und behielt die Vase mit dem Blumen vorsichtshalber im Blick nicht gleich aber nach einigen Tagen ich mag dich Draco wirklich und ich akzeptiere unseren Bund aber ich musste mich entscheiden entweder Ginny und mein eigenes Kind hypothetisches Kind warf Draco ein hypothetisches Kind alleine lassen oder dich und scheinbar habe ich aufgrund dieser Tatsache die richtige Entscheidung getroffen eine kurze Pause entstand in welcher sich Draco überlegte ob Harry inzwischen klar war dass er ihn mit seinen drei Lovern auf den Arm genommen hatte verstehst du fragte Harry nach als Draco ihm nicht antwortete ja ja winkte Draco ab blabla Kröte blabla Kind blabla Entscheidung schon verstanden sie schwiegen wieder und Harry begann ein wenig zu lächeln das hat mir wirklich gefehlt um es zu verdeutlichen widelte er mit der Hand zwischen sich und Draco hin und her dann griff er sich ein weiteres Brötchen und bestrich es sich mit Butter triff dich nicht mit ihm forderte Harry völlig aus dem Kontext gerissen und verteilte Marmelade auf der Brötchenhälfte kurz musste Draco sich sammeln um seine Gedanken von der Kröte weg zu bekommen und sagte dann aber wer soll mich denn dann auf dem Küchentisch und der Couch ficken Harry verschluckte sich und hustete leise während er sich gegen seine Brust schlug was stammelte er dann oh Potter da macht die Kröte ihre Beine für dich breit und du lässt deine letzten Gehirnzellen von ihr zu Tode vögeln ich kann keinen anderen Partner mehr haben als dich auch wenn ich nicht so viel von euch Gryffindors halte aber lesen solltet ihr wenigstens können Harry schwieg einige Zeit in welcher er Kaffee trank und sein Brötchen auf Ass aber außer dem Sex scheine ich dir nicht abgegangen zu sein schloss er dann als er sich die Finger ableckte Dweco verdrehte die Augen zum einen weil der Held einfach nur dämlich war und zum zweiten weil seine Familie vor hunderten von Jahren die Servierte erfunden hatte aber sie bei dem Neandertaler neben ihm noch nicht angekommen war tut mir leid Baby doll welchen ich übrigens mit einigen wunderbaren Handjobs ersetzt habe hast du mir nicht sonderlich gefehlt obwohl er tippte sich nachdenkend gegen seine Wange er sah wie Harry ihn warten musserte vielleicht auch ein wenig hoffnungsvoll nein nein tut mir leid ansonsten ist da nichts der kleine leichtgläubige Held wandte sich wieder seiner Zeitung zu Dweco streckte sich genüsslich bewegte seinen leicht und griff dann Harry vorbei zu der Kaffeekanne er schenkte sich seine Tasse voll und als er hoch sah blickte er genau in zwei grüne Augen welche seine Hände musterten dein Arm sagte Harry leise das dunkle mal heiß nicht wahr hat nicht jeder dafür musst du in einer Gang sein wir nennen uns nachdem unser Anführer nicht mehr unter uns weilt weil so ein Volltrottel ihn aus Versehen umgebracht hat die Totenkopf Gang ich war ja für Anti Brillenträger aber schlussendlich haben wir unseren Namen gefunden den Arm meinte ich nicht sagte Harry gelassen auch wenn Draco es verräterisch um Harrys Mund wickel zu sehen konnte an dem anderen habe ich aber kein cooles Tattoo Harry griff sich nun einfach Dracos linken Arm und zog seinen Ärmel ein Stück nach oben verdutzte Draco sein Handgelenk es war gerötet und an einigen Stellen aufgekratzt und verschorft es sah ziemlich schlimm aus als ob ihm jemand oder etwas das Handgelenk zerkratzt hätte was ist passiert fragte Harry besorgt und drehte Dracos Hand bis dieser sie ruckartig wegzog ich habe eine Allergie auf das Vila-Band bekommen warum sonst hätte ich so darauf bestanden dass du es mir abnimmst ist dir das nicht aufgefallen wo bist du nur immer mit deinem Kopf oh gab Harry nur sehr klug von sich Draco schnaubte und zog sein Ärmel zurück über die Wunden während Harry sich wieder seiner Zeitung widmete starrte Draco in seine eigene ohne auch nur gelenk blutig gekratzt hatte wie oft mussten seine Finger unbewusst zu der Stelle gefahren sein an welcher er sein schützendes und beruhigendes Armband getragen hatte und als sie dieses nicht gefunden hatten hatte er sich selber gekratzt im stillen verfluchte er sich dass es ihm nicht aufgefallen war weder die Wunden noch das manische kratzen hatte er wirklich realisiert aber Harry schien kein Verdacht geschöpft sie schwiegen wieder jeder an seinem eigenen Artikel vergraben bis es leise neben ihn ploppte und seine Hauselfe Lacey neben ihm stand guten morgen Mr. Draco Malfoy gab sie leise von sich und verneigte sich rasch dann spähte sie über den Tisch zu Harry welcher sich zur Seite gelehnt hatte um den Neuankömmling in Augenschein zu nehmen guten Morgen Master Harry Potter Sir begrüßte sie nun auch Harry welcher sofort die Hände ausstreckte um der kleinen Elfe einige der Fiolen und Flaschen abzunehmen welche sie zwischen ihren dünnen Ärmchen balancierte Harry stellte die Flaschen auf den Tisch und Draco erkannte sie sofort es waren die Tränke welche er jeden Morgen genommen hatte um den Tag zu überstehen dass er nicht an Vitamin und Mineralstoff Mangel oder wegen Müdigkeit vom Stuhl kippte als Lacey ihm das letzte Mal die Fläschchen gebracht hatte war er ihr sehr dankbar gewesen nun aber hasste er seine aufmerksame Hauselfe dafür verschwinde schnauzte er sie an die kleine Elfe erstarrte verstand dass sie etwas falsch gemacht hatte und ihre Hand schwebte neben den Fläschchen welche sie gerade auf den Tisch gestellt hatte sie schien abzuwägen ob sie sich gleich hier oder erst den Männer bestrafen sollte sofort fuhr Draco sie an so schnell sie konnte verabschiedete sie sich von ihrem wahren Master Harry und verschwand dann sie war noch dabei sich zu verneigen als Draco schon die Fiolen mit Zaubersprüchen verschwinden lassen wollte doch Harry schien nichts von seinen Sucher Qualitäten eingebüßt zu haben denn er fasste über den Tisch griff nach drei der Tränke und betrachtete die Aufschrift Stirn runzelnd was ist das fragte er danach während Draco kurz davor war sich seinen Zauberstab verschamen den Hals zu rammen Abführmittel gib mir das er streckte die Hand aus doch Harry zog die Fläschen aus seiner Griffweite Stärkungstränke Vitamintränke und ergriff sich eine weitere Flasche und musterte das Etikett Beruhigungstrank Draco lehnte sich vor und riss Harry die Flaschen aus den Fingern mit einem leisen Zauberspruch verschwanden sie und Draco nahm einen weiteren Schluck Kaffee um sich zu beruhigen das sind alte Fiolen und ich war zu faul die alten Aufkleber zu entfernen aber wenn du es wissen willst ich kann seit drei Tagen nicht mehr auf Klo zufrieden wenn er hoffte Harry damit in Verlegenheit zu bringen war er auf dem Holz Weg die grünen Augen seines Tischnachtbarn musterten ihn und Harry kniff leicht die Augen zusammen ok Malfoy ich habe keine Lust auf dieses Spielchen wie gut es jedoch geht ich befehle dir nun mir meine Fragen zu beantworten der Schalter welcher auf diesen Satz hin in Draco umgestoßen wurde brachte ihn dazu auf zu springen und das so ruckartig dass sein Stuhl nach hinten kippte wage es nicht schnorz er ihn an wage es niemals mehr mir nur einen einzigen Befehl zu geben Harry erhob sich mit einer ebenso schnellen Bewegung und schnitt Draco den Weg ab und drängte ihn an die Wand es gab ein kleines Hand gemenge wobei beide ihre Stähbe suchten sie aber auf den Esstisch hatten liegen lassen und Harry sich an Dracos Händen vorbeischob da er einfach stärker war ruckartig riss er ihm das Hemd aus der Hose und schob es nach oben dann keuchte er auf Gott Draco Draco schlug seine Hände weg schubste Harry von sich weg der nun auch zurück trat und zehrte sein Oberteil wieder gerade was noch nie einen Bauchnabel gesehen tja sowas haben echte aus irgendwelchen Löchern gekrochen seid du bist wahnsinnig dünn wie viel wiegst du forderte Harry zu wissen ähm lass mich nachdenken hm ach ja fick dich Potter der aber dachte nicht daran Draco gehen zu lassen schnappte sich seinen Zauberstab von seinem Platz und richtete ihn auf Draco welcher wie angewurzelt stehen blieb Panik durchzuckte ihn war er zu weit gegangen doch als seine Erscheinung kam näher und dann richtete er seinen Stab auf Dracos Gesicht finite Draco spürte wie seine Haut in seinem Gesicht prickelte als der Zauber sich löste er biss die Zähne zusammen und starrte Harry hasserfüllt an welcher noch näher getreten war und sein so gar nicht gelassenes und geschniegeltes äußeres musterte was ist passiert fragte Harry nun viel sanfter vielleicht lag es daran dass Harry alles gesehen hatte von den Tränken bis hin zu seinen Rippen welche man zählen konnte vielleicht auch weil er es einfach leid war zu kämpfen oder an Harrys ruhiger Stimme dass er es ihm nicht mehr befahl sondern ganz ruhig wissen wollte was los war oder es war einfach eine Mischung aus all dem er wusste es nicht was soll passiert sein wenn ich mich nicht übergeben habe habe ich versucht meiner Arbeit nachzugehen welcher wirklich der einzige Lichtblick war ansonsten lag ich in meinem Bett und habe die Astlöcher im Holz gezählt weil ich nicht schlafen konnte zwischendurch konnte ich zwei Bissen essen ehe mir so übel wurde dass das auch nicht mehr ging kannst zu schweigen von den Typen die mich gefögelt haben Merlin zum Glück halte ich da länger durch Gesicht kurz zögerte Draco dann fuhr er sich mit der Hand darüber und legte wieder den Zauber auf seine Gesichtszüge warum hast du es mir nicht gesagt fragte Harry was hätte das geändert kleiner kluger Gryffindor du wolltest eine Familie gründen ich habe noch nie von einer Familie gehört die sich Vater Mutter Kind und Wila nennt du etwa nun war es Harry der sich unbeherrscht über das Gesicht fuhr ich habe dich für einen Slytherin gehalten der nur an seinen Vorteil denkt ich wusste nicht dass nicht nur ich falsch einsortiert wurde Harry versucht das mit einem müden lächeln falsch einsortiert fragte Draco gleich neugierig nach er vergaß nicht dass Harry ihn gerade wirklich gedemütigt hatte aber der kleine Held schien nicht darauf herumreiten zu wollen sondern ihm im Gegenzug dem Helden ein bisschen schlechtes Gewissen machen und dann selber Informationen bekommen Harry setzte sich wieder deutete auf den Stuhl welchen er durch einen Zauber wieder aufrichtete kurz zögerte Draco dann stopfte er sich sein Hemd wieder in die Hose wobei Harry ihn eindeutig beobachtete und setzte sich dann zu ihm falsch einsortiert fragte er wieder nach kurz fragte er sich ob er es Harry nicht zu heute und wollte nicht mehr kämpfen nicht heute morgen wieder morgen würde er wieder das gehen Harry sein Leben sein dunkles mal und alles andere hassen aber nicht heute der sprechende hut nein Draco nichts trinken du wirst dich sonst nur verschlucken ein leises schnauben von Dracos Seite dann stellte er die Tasse wieder auf den Untersetzer verschränkte die Hände ineinander und stützte seinen Kopf darauf ab er wollte mich nach Slytherin schicken aber ich wollte nicht zum einen weil Hagrid und Ron wenig begeistert davon waren und weil du um es nett zu sagen ein wahnsinniger kotzbrocken warst gut bei dieser information hätte er auf jeden Fall seinen Kaffee über den Tisch verteilt warte der Ruth wollte dich nach Slytherin schicken und du wolltest nicht habe ich das gerade richtig verstanden Harry nickte und erhielte ihn an stell dir mal vor das wäre alles ein wenig anders verlaufen und ich wäre bei dir in Slytherin gelandet Dracos Ohren rauschten als er darüber nachdachte fürwahr es wäre alles anders gekommen sie hätten sich angefreundet Harry wäre an Weihnachten und in den Ferien im Männer gewesen der dunkle Lord hätte ihn vielleicht da nicht umgebracht und sie beide wären Todesser geworden hätten mit Masken bekleidet hinter ihrem Meister gestanden während dieser einen Muggel nach dem anderen abschlachtete irgendwie so seltsam es auch in seinen eigenen Ohren klang war er froh dass dieses Leben an der Seite von Harry ohne seine Familie aber dafür auch ohne den grüßenwahnsinnigen Diktator zu führen wir hätten viel Spaß gehabt und ich hätte dich zu einem tollen Slytherin machen können wir hätten zusammen die Wiesel geärgert Schach gespielt und hätten eine Strichliste geführt wer mehr Frauen ins Bett bekommt neckte Draco ihn ach ja gewonnen Harry lachte auf zum ersten mal seit sie wieder inoffiziell offiziell zusammen waren lachte Harry wieder und Draco fühlte sich wohl woher willst du das denn wissen Slytherinsche Intuition Baby Doll etwas was du leider niemals haben wirst wieder lachte Harry auf streckte dann seine Hand aus und legte sie auf Dracos was dieser mit einem Hochziehen seiner Augenbrauen quittierte wir können wir können jetzt noch Spaß miteinander haben und dabei lächelte er ihnen so breit und liebevoll an als ob sie niemals getrennt gewesen oder durch diese Trennung noch enger zusammengewachsen waren Harry beugte sich ein Stückchen vor er wollte eindeutig geküsst werden und auch Draco kam ihm entgegen verschränkte ihre Finger miteinander und sagte dann ja wir werden viel Spaß miteinander haben ein leises zustimmendes krummeln kam von Harry und er lehnte sich noch weiter vor und das ist ein so verflugt schwuler Moment dass sicher gleich die Muggel Kameramänner reinkommen und wir es mit zwei anderen Jungs dreckig auf dem Esstisch treiben werden er hob seine Hand welche nicht von Harry umklammert wurde und hättelte herablassend dessen Wange dann stand er auf Ich muss jetzt zur Arbeit Sofort machte Harry den Mund auf aber Draco unterbrach ihn Nein sag es nicht mach es nicht kaputt diesen schwulen Moment Draco hatte ja keine Ahnung dass er diesen Satz in den nächsten Tagen noch sehr oft sagen würde Teil 29 Draco nahm seinen Mantel vom Haken und legte sich ihn um Er hatte seit zwei Wochen keine so gute Laune mehr gehabt Selbst der Verschnitt und das Akne Paradies hatten ein breites Lächeln geschenkt bekommen welches sie so verstört hatte dass sie Draco keine Sekunde aus den Augen gelassen hatten Morgen früh würde er wieder bei Harry frühstücken und mit diesem Wissen ließ ihn die Mutation heute Nacht ganz gewiss schlafen durchschlafen um genau zu sein und das musste und brauchte sein Körper aber davor würde er sich zu Tode fressen er würde sich von Lacey alles kochen lassen was er gerne aß und dazu den besten und teuersten Wein aufmachen welchen er hatte und das alles ohne Schmerzen Angst und der stetigen heftigen Unruhe Draco erwischte sich dabei wie er leise ein Lied summte während er die Tür hinter sich mit Zaubern verschloss sich dann schwungvoll umwandte um einige Schritte auf die kleine Gasse zu treten um nach Hause zu operieren Mr. Underwood hatte ihn ein wenig verstört angesehen als Draco ihm einen guten Morgen gewünscht hatte und sich dann die erste Bestellung genommen hatte woher der alte Mann gewusst hatte dass alles wieder in Ordnung war oder besser gesagt alles beim alten hatte Draco nicht gewusst vielleicht hatte es daran gelegen dass er wirklich unsäglich gute Laune gehabt hatte oder daran dass er nicht mit einer riesigen Flasche Kaffee auf der Arbeit aufgeschlagen war aber die Tattrigkeit nahm er seinem Arbeitgeber schon lange nicht mehr ab dafür sah und bemerkte er viel zu viel nach Dracos Mittagspause hatte Mr. Anderwood ihn strahlend bei seinem Arbeitstisch empfangen ihm auf die Schulter geklopft und gesagt ich freue mich sehr für dich bitte was Sir hatte Draco nachgefragt und seinen Umhang weggelegt nehm lange Unterhosen mit mein Junge seine Stiehlen hatte sich automatisch gerunzelt was sollte er wo mit langen Unterhosen Sir hatte er nachgefragt aber Mr. Anderwood war rasch aus dem Zimmer geschlurft als die Tüurglocke geläutet hatte seufzend hatte Draco nur den Kopf geschüttelt er hätte ahnen müssen dass Harry mal wieder seine Finger im Spiel hatte Draco senkte seinen Zauberstab nachdem er die Tür mit den üblichen Schließzaubern belegt hatte er drehte sich um und prallte gegen einen Körper welcher ihn sofort mit den Armen umschloss um ihn daran zu hindern auf dem nassen und stellenweise vereisten Boden auszurutschen kurz krampfte Draco sich zusammen und sobald er wieder einen festen Stand hatte trat er rasch zwei Schritte zurück instinktiv griff er nach seinem Zauberstab aber vor ihm stand nur Harry eingepackt in einem warmen Umhang und einem roten selbst gestrickten Schal um den Mund und Nase geschlungen die Ohren welche nicht bedeckt waren leuchteten in einem schönen kräftigen Rot und würden dem Helden sicher abfallen wenn sie nicht angewachsen wären Mann nüllte er und zog sich den Schall von Mund und Nase ich dachte du kommst gar nicht mehr raus Mann äffte Draco ihn nach und schob seinen Stab zurück hätte es ja auch einfach reingehen können oder sterben gehen super alternative Harry schnaubte nur und sagte dann ohne weiter auf Dracos bissige Bemerkung einzugehen ich habe eine Überraschung für dich oh Merlin ist das wirklich wahr Draco trat näher zu Harry und legte ihm seine Hände auf die Schultern du bist schwanger Harrys Gesicht entgleiste ich was das geht Draco wünschte sich eine Steinmauer gegen welche er seinen Kopf schlagen konnte einfach so aus Lust an der Freude und um Harry klar zu machen dass er ihn für einen Vollidioten hielt kurz überlegte er ob es die Ziegelmauern in seinem Rücken auch tun würden aber er entschied sich dagegen der kleine Held schien sein vor Paar zu bemerken denn er schüttelte nur leicht seinen Kopf und massierte seine Nasenwurzel nein ich dachte wir machen einen Kurzurlaub nur du und ich um uns ein wenig besser kennenzulernen wir ficken regelmäßig näher geht ja wohl kaum warf Draco ein und verschränkte die Arme vor der Brust stell dich nicht so dämlich an zu in gab Harry zurück und Draco verstand dass es auch für Harry nicht einfach zu sein schien deswegen hatte er auch hier draußen gestanden auf ihn gewartet ich muss morgen arbeiten musst du nicht frohlockte Harry ich habe alles mit deinem chef geklärt lange unterhosen gab Draco nur zurück deswegen hatte sein arbeitgeber so gestrahlt als er aus der mittags pause zurück kam Harry hatte ihm geschrieben oder gesagt dass er seinen mitarbeiter gerne ausleihen würde um sonst was die nächsten tage mit ihm zu treiben wenn Harry sich aber mit Mr. Underwood in Kontakt gesetzt hatte und ihm um ein paar Tage frei für Draco gebeten hatte bedeutete das dass er wusste dass Harry nicht nur der Held sondern auch der Herr war welchen Draco ungern in der Öffentlichkeit sehen wollte aber er traute dem alten Mann zu dass er damit nicht tausieren ging bei Merlin hoffentlich hatte er ihm nur zu dem Urlaub gratuliert und nicht dazu dass er das Bett mit dem Muggel Kleider tragenden Helden teilte Draco würde ihm nie mehr unter die Augen treten können Harry runzelte die Stirn er widerte nichts auf die Unterhosen Aussage und sagte dann nur wir müssen los wenn wir den Portschlüssel noch erreichen wollen langsam löste Draco seine verschränkten Arme und selbst wenn er es nicht wollte war er nun neugierig und gespannt sie apparierten nicht einfach irgendwo hin wo Harry schon mal gewesen war oder flogen mit einem Besen obwohl sie sich bei diesen Temperaturen nie wieder Gedanken um Nachwuchs machen müssten weil ihre Spermien zu winzig kleinen Eiswürfeln gefroren wären Harry streckte die Hand nach Dracos aus und dieser legte seine nach einigen Augenblicken des Zögerns hinein Harry lächelte zog Draco ruckartig enger zu sich Es war beruhigend Harrys Körper doch so eng an sich zu spüren und er klammerte sich an Harrys Hand fest um nicht verloren zu gehen Sie landeten in der Eingangshalle in welcher die Portschlüssel vergeben wurden Augenblicklich riss Draco die Hand aus Harrys und zog sich seine Kapuze über Wieso machte Harry das? Ein wenig Abseits und nicht unbedingt in der Mitte des Raumes hätte es auch seinesgleichen suchte Vielleicht schien er einfach nicht zu begreifen dass Draco eine Zielscheibe war Kurz erschauderte er als er daran dachte wie er vor nicht einmal neun Wochen in der Winkelgasse von gezögten Zauberstäben umringt gewesen war inklusive dem von Harry Harry ließ Draco warten während er selber einen Schalter trat die Modalitäten klärte und dann von der verliebt aussehenden Frau hinter dem Tresen eine leere Schipstüte bekam Harry kam zu Draco zurück und sie standen still nebeneinander während die kleine Uhr in Harrys Hand die Zeit runter zählte Ich habe keine Klamotten zum Wechseln dabei fiel Draco auf einmal ein als er seine dreckigen Schuhe betrachtete und gerade daran dachte dass er sich um die Frühlings Kollektion bemühen musste Grinsen trub Harry nur den Blick von seiner kleinen Uhr Also echt Draco man könnte meinen dass du vergessen hast dass du ein Zauberer bist und wenn du es so schrecklich findest an zwei Tagen dasselbe zu tragen dann gehen wir zusammen shoppen ich bin mir sicher dass du noch nie ein Muggel kauf was von innen gesehen hast ist wirklich ein Besuch wert bevor Draco dazu kam Harry zu erklären dass er sich in Flammen aufgehen würde wenn er einen Fuß durch diese magischen Türen setzte welche auf und zu gingen wenn die Muggel davor wollten spürte er den Druck eines Raumsprungs und Harrys Schulter stieß gegen seine Auch wenn sein Blick verzerrt war erkannte er doch dass Harry die Augen so wie ein Anfänger fest zusammengekniffen hatte und deswegen den Punkt des Absprung verpasste Während Draco auf dem Boden aufkam und nur einen Schritt machen musste um sich abzufangen schlug Harry neben ihm der Länge nach hin die Schippstüte in der Hand und stöhnte leise und gequält auf als sein Körper Bekanntschaft mit dem Marmorboden machte Draco konnte sich selber nur schwer davon abhalten einen Lachkrampf zu bekommen ging deswegen neben Harry in die Knie und hustete was das Zeug hielt du bist ein Arsch Malfoy nuschelte Harry gegen den Blonden der sich von dem hust krampf nicht ablenken ließ und nun begann Draco wirklich zu lachen während Harry sich aufrappelte und Draco ihn unter dem Oberarm unterstützend hoch zog Harry klopfte seinen Umhang sauber während Draco seinen Stab zog um Harrys Oberteil magisch zu reinigen aber außer einem heißen Strahl Wasser schaffte es nichts aus der Stab Spitze Autsch Draco fluchte Harry angelte seinen eigenen Stab aus seiner Gesäßtasche und trocknete sich ab Draco las nochmal was auf dem Schild stand und ließ seinen Stab wieder sinken aus welchen immer noch ein wenig Wasser tropfte Paris Paris fragte er erst und stellte es dann fest Das ist so schwul Potter das ist so verdammt schwul Harry errötete und hob dann selber den Blick zu dem großen weißen Schild welches in der Halle hing Hermine hat mir Draco stöhnte auf und machte sich auf den Weg zum Tresen er wollte nach Hause Hey Harrys Finger schlossen sich fest um seinen Oberarm Ich wollte nur sagen dass Hermine mir nicht geholfen hat Als ich sie gefragt habe sagte sie nur dass sie nicht meine Probleme lösen würde und ich mir etwas selber ausdenken soll Ich dachte es würde dir vielleicht gefallen hab mich wohl getäuscht Draco sah wie sich Harrys Finger enger um seinen Zauberstab legten und er hörte dass sich Harry wohl wirklich Gedanken gemacht hatte dass er Draco wirklich eine Freude machen wollte und alles versucht hatte was er eben als Gryffindor so auf die Reihe bekam Geh zu der Tafel und such dir was aus egal was sagte Harry nur und fuhr sich mit der Spitze seines Stabes über den feuchten Fleck seines Pullovers Kurz sah Draco zu der magischen Tafel welche die Reiseziele die Kosten und die Wartezeit bis zu dem nächsten Schlüssel anzeigte und dann wieder zu Harry er hasste es aber er bekam ein schlechtes Gewissen natürlich mochte er Paris wer mochte Paris nicht die Stadt war wundervoll voll Leben und Magie sie hatten die falsche Mona Lisa und andere gefälschte Kunst Gegenstände die Museen waren trotzdem legendär und wenn man wusste wo und wie konnte man hier einen wundervollen Urlaub verbringen das letzte Mal war er vor vielen Jahren als der Name Malfoy noch mit Bewunderung und nicht mit Verachtung ausgesprochen worden war mit seinen Eltern hier gewesen er hatte auf dem Landgut einer befreundeten Familie gewohnt und da seine Eltern so gar nichts von Muggel hielten hatte Draco so gut wie nichts von der Stadt zu sehen bekommen obwohl es ihn auch in den Fingern gejuckt hatte die alten Muggel Gebäude zu erkunden auch wenn die Dummköpfe von Muggeln es nicht wussten aber die meisten bekannten Gebäude hielt nur reine Magie davon ab in sich zusammen zu fallen hast du schon ein Hotel gebucht und als Harry nickte ohne Draco anzusehen wandte dieser sich dem Ausgang zu allerdings war er sich ziemlich sicher ein triumphierendes Grinsen auf Harrys Lippen gesehen zu haben gute Güte Potter das ist so schwul dass ich gleich kotzen muss teilte Draco Harry freundlich mit während sie aus dem Barockgebäude traten und in die blasse Nachmittagssonne blinzelten vor ihnen erstreckten sich einige kleine Parkanlagen und sie schien auch bei dem Muggel beliebt zu sein denn trotz der Kälte tummelten sich einige verliebte eng umschlungene Pärchen vor ihnen auf den Wegen trotz Dweckos Befürchtungen in einer schnuckeligen kitschigen Pension mit rosa Blümchentapete unterkommen zu müssen betraten sie nach einem kurzen Fußweg ein Hotel dass es ein Zauberer Hotel war zeigten die beiden gekreuzten Stäbe über der Tür und Dweckos Hals und Nacken Muskeln entspannten sich ein wenig besonders als sie in eine riesige teure mobilierte Eingangshalle traten in welcher Harry absolut fehlend am Platz wirkte keine der Zauberer tot Muggelkleidung und sogar die exotischen Pflanzen in den Ecken der Hallen schrien dass sie teuer und edel waren ganz zu schweigen von der restlichen Einrichtung wer hier reinging der hatte Geld oder ging mit jemandem ins Bett der es hatte Draco grinste ein wenig unter seiner Kapuze irgendwie belustigte es ihn zu der zweiten Kategorie zu zählen das war nicht Harrys Stil ruhig schritten sie nebeneinander her und Draco beobachtete die Leute Aufmerksamkeit es vermutete schließlich auch keiner den Helden hier in Paris in einer so noblen Unterkunft die einzigen die sie anblinken musterten Nase rümpfend Harrys Jeans und den warmen Pulli das hier war wirklich nicht das mit was Harry sich gerne umgab es war das was Draco mochte und ob er es wollte oder nicht er schätzte diesen Zug von ihm Harry würde nicht an ein wenig Stiel sterben aber trotzdem war Draco klar dass er dasselbe für Harry getan hatte als er in die Wiesel mit gegangen war nur dass er seinen Stiel abgelegt hatte ehrliche Zuneigung durchflutete Draco und er biss sich heftig auf die Zunge dass er dieses Gefühl mit Schmerz überdecken konnte es half ein wenig Teil 30 ihr Zimmer oder besser gesagt ihre Suite lag im obersten Stockwerk und man hatte einen super Blick über die Stadt neben dem üblichen Schlaf Ess Arbeits und Wohnzimmer gab es auch noch eine große Außenterrasse mit einem kleinen Whirlpool Draco betrachtete stumm die Einrichtung während Harry den Zauberer welcher sie nach oben geleitet hatte mit ein wenig Trinkgeld abwimmelte und dann die beiden Koffer auf dem Bett mit dem Schlenker seines Erkannte die teuren Anzüge und hatte stark seine Hauselfe in Verdacht als das Buch welches er gerade las auf dem Nachttisch zu liegen kam Wir wollen das und das und das und das und das gelbe dahinten auch verkündete Harry und tippte mit jedem das mit dem Finger gegen die Glasscheibe welche ihn davon abhielt gleich in die kleinen Süßigkeiten zu beißen und die Nase während die Verkäuferin ihn mit einem ewigen Lächeln wartete und von einem zum anderen blickte sie hatte sie kaum genau angesehen Keinem schien klar zu sein dass Harry Potter hier in der kleinen Konditorei stand nebst seiner Mutation die ganz nebenbei ein Todesser gewesen war Draco hatte sich die Kapuze von seinem blonden Haar gezogen und niemand musterte ihn als ob sie sein dunkles die einzigen blicke kamen von jungen hexen aber die war er inzwischen gewohnt und es streichelte sein ego dass er und nicht Harry angehimmelt wurde wir ich bin auch zum ersten mal hier also lass mir meinen Spaß lautlos seufzte Draco auf weil Harry sich anhörte wie ein kleines Kind auf zu viel Cola wandte sich zu der Verkäuferin und erklärte ihr mit seinem perfekten akzentfreien Französisch dass sie gerne die ganzen Leckereien hätten und dazu noch zwei Kaffee während Draco an seinem heißen Kaffee schlürfte sah er Harry dabei zu wie er jedes Stückchen mit seiner Gabel teilte wobei er so konzentriert war dass er die Zungenspitze zwischen die Zähne geklemmt hatte und sie dann von der Kuchenplante runter auf zwei Teller verteilte er schob lachteln Stirnrunzeln besah Draco sich seinen Teller welcher überladen war mit halben süßen Stückchen Ist das dein Ernst ich werde das ganz bestimmt nicht alles essen Oh Draco du musst das mit der Creme Füllung probieren das ist köstlich gab Harry nur als Antwort und Draco nahm sich seine Gabel machte sich ein wenig davon ab und schob es sich in den Mund Harry strahlte ihn an und Draco nickte knapp Ja das war gar nicht mal so schlecht Aber Harry war sicher nicht mit ihm nach Paris gegangen um sich jetzt mit süßem satt zu fressen Potter sagte Draco ruhig und legte die Gabel wieder weg Was machen wir hier Was soll das werden Immer noch kau und hob Harry den Kopf und sein Blick litt über Dracos Teller Er wurde ernst sprach ein stille Zauber über ihren Tisch Ich denke dass wir dringend reden sollten Machen wir doch den ganzen verdammten Tag lang Ruhig aber bestimmt schüttelte Harry den Kopf und deutete dann auf den Teller von Draco Ist bitte auf Draco schnaubte Ich wüsste nicht was du mir zu sagen hättest Ich weiß dass es dich überrascht aber ich bin selber schon groß Groß ja aber viel zu dünn Isst du das jetzt bitte auf sagte Harry aber Draco konnte keinen befehlenden Unterton wahrnehmen Sind wir also hier um Kuchen zu essen fragte Draco und machte sich mit der Gabel um des Friedens Willen noch mal ein kleines Stückchen ab Nein nicht nur ich dachte mir dass es dir gut tut wenn du mal einige Tage aus London raus kommst und langsam ist es an der Zeit dass wir aufhören Voldemort die Todesser unser Band und Dumbledore so zu umschiffen nachdem Ginny nun wirklich keine Option mehr ist Harry brach ab und sah weg und das war der Augenblick in welchem Draco klar wurde dass er Harry niemals belügen sollte man merkte Harry deutlich an wie sehr ihn dieser Verrat schmerzte ohne Zweifel hatte er die Kröte geliebt liebte sie wahrscheinlich immer noch aber er hatte sich entschieden seinen Erzfeind am Leben zu erhalten und saß deswegen in Paris in der Konditorei der Winkelgasse und aß die Hälfte der süßen Stückchen das besagte Erzfeind die andere Hälfte essen musste damit dieser wieder zu Kräften kam Ich halte dich nicht auf geh vor hol dir noch eines von dem Zucker Zeug Flo zu ihr und vertrag dich mit ihr gab Draco Hart zurück und musterte den Helden welcher ihn wieder anblickte hatten wir das nicht schon ich habe mich für dich entschieden niemand sagt dass ich sonderlich glücklich damit war oder bin und erzähl mir nicht dass du Luftsprünge gemacht hast mein ganzes Leben musste nun da ich das hinter mir habe einen Job habe den ich liebe eine nette kluge Freundin hatte welche ich heiraten wollte das Haus fertig war und die Nachwehen des Krieges langsam nachlassen kommst du und machst alles kaputt Draco ballte die Faust an dem Tisch heftig zusammen tut mir sehr leid dass ich an dich gebunden wurde giftete Draco zurück im nächsten Leben werde ich als Draco aufstehen wollte und hielt ihn fest Draco sagte er langsam und sein Griff lockerte sich ein wenig ich sagte dass ich mich für dich entschieden habe ich habe abgewogen was ich will und ich will dich weil ich dich eigentlich immer ins Bett schleifen will wenn ich dich sehe ich will dich und dazu gehört eben auch die schmutzige Vergangenheit und mir ist absolut klar dass auch dein Leben durch dein Willagin eine ganz andere Wendung bekommen hat wir sollten das beste daraus machen und ich denke wir schlagen uns doch ganz gut oder langsam löste sich Harrys Hand von seinem Gelenk und Draco musste trocken schlucken auf einmal war er sehr froh dass er auf seinem Teller einen Haufen Süßigkeiten hatte mit den Fingern griff er sich ein halbes irgendwas und schob trank einen großen Schluck Kaffee hinterher und wischte sich dann die verklebten Finger an einer Serviette ab er hätte Harry niemals für so vernünftig gehalten aber die Scheinschwangerschaft von der Kröte schien einiges in ihm wachgerüttelt zu haben anders als Draco vermutet hatte schien er die zwei Wochen ziemlich intensiv über das Band nachgegrübelt zu haben an einem einzigen Tag hätte er sonst nicht die Reise und diese Aussage zusammen basteln können nun gut sagte Draco dann und Harry lehnte sich zurück er schien wirklich darauf gelauert zu haben dass Draco wieder aufspringen wollte um zu gehen und wie stellst du dir das vor ich werde jetzt sicher nicht anfangen meine geheimsten Sex Phantasien mit dir zu teilen obwohl warum eigentlich nicht Gilder wie Lockhart Oh Merlin der heißeste Mann auf dieser Welt wenn er nun nicht so vergesslich wäre Draco seufzte vor sich über sein Gesicht und fixierte dann Harrys breites Grinsen ich weiß nicht sagte er während er den Kopf schüttelte und immer wieder die Augen schloss sicher um das Bild weg zu bekommen wie Harry auf allen vieren keuchend vor ihrem ehemaligen Professor kniete fangen wir doch einfach damit an indem wir uns Fragen stellen abwechselnd jede eine das ist so kindisch dass es klappen könnte stellte Draco fest und verschränkte die Arme vor der Brust dann schieß mal los wieso hast du das dunkle Male angenommen Draco hob eine Augenbraue das ist vielleicht mal ein Anfang wieso weil ich es sexy fand und die Frauen darauf standen Harry seufzte so wird das nichts stellte er fest doch so wird das was warum denkst du denn dass ich das gemacht habe weil ich so scharf darauf war als minderjähriger einem größenwahnsinnigen zu dienen meine familie stand beschissen schlecht da vor dem dunklen lord mein vater hat nachdem er das erste mal verschwunden ist die seiten gewechselt er hat die ziele verraten hinter denen er stand und der dunkle wort wusste das sehr genau nachdem du ihm dann auch noch im ministerium abhandengekommen bist waren wir mehr als nur unten durch ich musste das machen deswegen habe ich das dunkle mal bekommen weil mein vater versagt hat immer und immer wieder wie war es als du es bekommen hast das sind jetzt aber zwei fragen warf draco ein du darfst dann auch gleich zwei stellen also harry hatte sich ein stückchen vor gebeugt und hing an dracos lippen er schien es wirklich wissen und verstehen zu wollen draco biss wieder in eines der süßen stückchen und harry nahm die zeit rührte in seiner tasse herum und nahm einen schluck es war das schlimmste was mir jemals passiert ist dein süßer fluch welcher mir die brust zerfetzt hat war ein witz dagegen sagte er dann zu dem karies berg auf seinem teller alle waren abwesend naja die ranghöchsten totesser bellatrix hat das eisen erhitzt und moment mal ich dachte das wäre ein zauber gewesen und deswegen verblasst es jetzt auch wieder draco lachte trocken auf harry hatte keine ahnung absolut keine ahnung bei der ersten generation war es ein zauber bei uns war es ein glühendes stück eisen voll gepumpt mit schwarzer magie er hat es erhitzt und dann wurde es mir eingebrannt und jetzt stelle dir denselben schmerz vor oft ruft und ich konnte ihm nicht folgen weil ich in Hogwarts war es konnte bis zu einer stunde schmerzenteils glühen keine ahnung ob er das wusste aber ich denke das war ihm klar und er darauf stand mich wissen zu lassen dass es ihn immer noch gab kurz musste draco sich sammeln dann blickte er von dem zucker groß hoch und harry sah ernsthaft bestürzt aus deswegen hast du mich damals nicht verraten draco neigte den kopf in eine unbestimmte richtung auch schweigend betrachtete harry sein kaffee bis draco die stille brach jetzt fang nicht an zu heulen potter so beschissen wie du ausgesehen hast als sie dich brachten kann dein jahr auch kein zuckerschlecken gewesen sein daraufhin hob harry den blick wieder und grinste dann unbestimmt jetzt ich bestimmte draco und leckte sich über die lippen wo haben sie dich versteckt bis du in die schule gekommen bist die todesser haben dich gesucht aber nie gefunden bei meinen verwandten gab harry als knappe antwort und draco wartete darauf dass er fort fuhr weiter harry seufzte und rieb sich über die narbe hör mal das ist nicht von bedeutung sie haben nichts mit uns zu tun naja früher oder später werde ich bei den potters oder wie auch immer sie heißen aufkreuzen müssen dass sie mich kennenlernen verdutzt und leicht verärgert runzelte draco die stirn als harry leise zu kichern begann sie sind muggel und du wirst sie niemals kennenlernen wir haben keinen kontakt mehr wieso nicht fragte draco weiter familie war ihm heilig für die Familie einbrennen lassen sagen wir mal so sie haben es nicht so mit zauberern heißt bohrte draco weiter was willst du denn hören ich bin beim muggeln groß geworden und bis ich elf war wusste ich nichts von der zauberer welt deswegen warst du auch so ein depp half draco ihm aus ja deswegen war ich wohl so ein depp flichtete harry ihm bei und seine Mundwinkel keinen kontakt mehr fragte draco weiter weil sie mich gehasst haben deswegen sie haben mich verabscheut für meine magie blödsinn sie hätten den boden küssen müssen auf dem du gehst weil du ihr erbärmliches leben mit deiner zauberkraft bereicherst harry kicherte nur leise sagte aber nichts weiter dazu sondern starrte nur auf dracos teller bis er ihm ein halbes stückchen rüber reichte in welches harry zufrieden rein biss wieder machte draco drei kreuze dass er sich niemals mit dem potter fortpflanzen könnte harrys kind wäre sicherlich so vernascht wie er erzähle es mir forderte draco wieder er war neugierig sehr neugierig sogar wenn er als kind an den großen helden harry potter gedacht hatte hatte er sich ihn in einer männer umschwirrt von bediensteten und vogelorden anhängern gesehen aber er schien sich zu täuschen ich hatte mein zimmer im schrank unter der treppe wo davor die besenkammer war meine kleider waren mir zu groß und sie waren abgetragen denn sie hatten davor meinem fetten cousin gehört an weihnachten saß ich daneben und habe zugeschaut wie er die tollsten geschenke auspackte während ich ein paar abgelegte socken bekommen habe wenn wir unterwegs waren dann hat er ein Eis bekommen und ich nicht wenn er etwas wollte wurde es ihm gekauft und ich habe als ich viel war verstanden dass ich nichts bekomme auch wenn ich bettle wenn ich einen magie ausbruch hatte wurde ich dafür mit essens entzug und teilweise auch mit der einen oder anderen ohrfeige bestraft um es mir auszutreiben musste ich den haushalt machen geschirr spülen putzen saugen essen kochen einkaufen gehen den rasen mähen und den garten pflegen den müll rausbringen und all sowas eben ich hatte keinen einzigen freund weil sich niemand getraut hat ohne dass mich die sogenannten freunde meines cousins entdeckt und gejagt haben ich war immer nur der potter der in viel zu weiten kleidern in der schule und in der letzten reihe gesessen hat und seltsam war sobald ich 18 und der Schutz damit unwirksam wurde haben sie mir den rücken zugekehrt und mich alleine gelassen Draco schwieg und beobachtete die hektischen roten flecken an harrys hals der junge held hatte sich in rage geredet und starrte nun betroffen auf seinen leeren teller schweigend schob Draco ihm seinen vollen teller zu und harry griff nachdem er ein leises danke gemummelt hatte nach einem stückchen und bis hinein das erklärte so vieles warum er so bescheiden war und das hasste im mittelpunkt zu stehen warum die wiesel familie zu seiner geworden war warum er sich so sehr an sie klammerte obwohl er als harry potter besseres verdient hätte es erklärte die abgetragenen sachen und dass ihm sein magisches und ehrenvolles blut so egal war es leuchtete Draco ein warum harry sich in der schule so oft daneben benommen hatte keine ahnung von magie oder ihrer welt besessen hatte und erklärte noch etwas warum er Draco nicht in seinem leben wollte zumindest bis vor kurzem nicht gewollt hatte er wollte das was ihm verwehrt geblieben war eine familie welche sich umeinander sorgte sich liebte und beschützte deswegen war er mit der kröte zusammen gewesen weil sie genau das hatte was er brauchte zwei eltern die ihn schlichtweg adoptierten einen ganzen haufen an geschwistern und freunden und dazu eine frau mit welcher er sicher einige kinder gezeugt hätte draco verziehe ihm nun zum ersten mal dass er ihn gezwungen hatte seinen stab zu zerbrechen und er sah dass sie mehr gemeinsam hatten als sie ihn lieb war harry wusste wie es war gehasst und ungeliebt zu sein er war so aufgewachsen draco wusste es nun abgeschnitten von freunden und familie bot harry ihm das was er selber wollte und draco konnte ihm das geben nach was harry sich sehnte die möglichkeit auf ein geschütztes anerkanntes leben für draco einen partner welcher für immer zu ihm hielt egal was geschah für harry dracos mutiertes gehen schien gut gewählt zu haben für sie beide draco seufzte scheit sich innerlich für einen schwulen idioten und stand dann auf komm potter ich denke dass wir hier drin nicht versauern müssen paris hat einige schöne ecken harry verwandelte eine der servierten in eine schachtel und legte die restlichen süßen stückchen hinein dann zauberte er sie klein und schob sie sich in die hosentasche ehe sie ihre mäntel um legten und zusammen in die aufziehende nacht traten teil 31 draco besagte weil die lehrerin einfach nicht das war was sie sein sollte und zwar eine lehrerin so schnell wie nur möglich hatte er das fach abgewählt aber nun ärgerte er sich darüber er konnte nur anhand von harrys stimme erkennen dass etwas im argen lag dafür brauchte er nicht mal in eine glaskugel zu schauen vielleicht sollte er die Segel bei Mr. Underwood streichen und sich mit seinen langen blonden Wieler Haaren und einem ausgestopften BH in der Winkelgasse einen kleinen Laden suchen er würde sich vor Kundschaft nicht retten können um sich selber ein wenig Zeit zu geben tupfte er seine sicherlich makellosen Mundwinkel sauber und faltete seine Hände dann vor seinem leeren Teller sie saßen in dem Esszimmer ihrer Suite Seite an Seite und jeder von ihnen genoss das reichhaltige und sehr köstliche französische Frühstück ihr sehr spätes Frühstück denn sie waren erst um neun wach geworden gestern Abend hatten sie nicht viel mehr gemacht als zusammen schweigend durch die dunklen Gassen zu bummeln sich die erleuchteten Auslagen anzuschauen um dann recht bald auf ihre Zimmer zu gehen eigentlich war Draco ein wenig Sex oder wenigstens Nähe nicht abgeneigt gewesen aber als er aus dem Bad war dann eingeschlafen sein Körper war nicht auf der Höhe er forderte sein Tribut dafür dass Draco ihn zwei Wochen lang mit Nahrungseinzug und pro Nacht maximal drei Stunden Schlaf gequält hatte wach war er geworden als Harry sich verschlafen an ihn gedrängt und sich an seinen Rücken geschmiegt hatte Ja Harry fragte Draco und musterte seinen Gegenüber Kurz fühlte er sich an das Gespräch von vor zwei Wochen erinnert bei welchen ihm Harry so sauber den Laufpass gegeben hatte Ich hab was für dich sagte der kleine Held er rötete und schob Draco dann eine kleine verpackte Schachtel über den Tisch Du weißt schon dass du bei einem Heiratsantrag eigentlich einen Kniefall machen musst neckte Draco ihn starrte aber mit aufkommender Nervosität das Kästchen an Bei Harry konnte er sich gruseliger Weise vorstellen dass sich in einem schwarz eingepackten Geschenk wirklich ein Ring befand der Größe nach konnte sich darin ein Ring verbergen und zu allem Überfluss schien sie jetzt nachdem das leidige Krötenkapitel für immer hinter ihnen lag ein Paar zu sein Vielleicht wollte Harry es jetzt wirklich offiziell machen und hielt um die Hand seiner Mutation an Draco es tun würde wer wusste schon was im Kopf eines Gryffindors so herumgeisterte und nachdem was Harry ihm von seinen Verwandten erzählt hatte könnte es sein dass sie ihn das eine oder andere Mal vom Wickeltisch hatten fallen lassen nein es ist kein Ring sagte Harry ruhig und spielte mit einer Ecke des Papiers rum ich werde dir sagen was es ist ich will nicht dass du wieder an die Decke gehst Draco spürte selber wie sie seine Stirn runzelte inzwischen wussten sie ungefähr was den anderen an die Decke brachte bei Harry waren es Scheinschwangerschaften gut dass das bei Draco nicht mal im Bereich des möglichen lag bei Draco war es das verdammte gehen und alles was damit zu tun hatte ich glaube ich will es nicht wissen sagte Draco und schob drehte es zwischen den Fingern ich habe deinen wundgekratzten Arm gesehen erzähl mir nicht dass es ein ausschlag war sagte er als Draco den mund öffnete um zu widersprechen immer wenn du dich unwohl fühlst fährst du dahin wo dein band war und ich dachte mir wenn wir mal wieder getrennt werden und das werden wir da ich einfach von meinem Job aus immer mal wieder längere einsätze habe dass du etwas hast das dich beruhigen kann zwei dinge schockierten Draco an dieser kleinen ansprache zum einen dass Harry ihn wirklich zu beobachten schien und er anscheinend wirklich häufig seinen Arm berührte zum anderen hatte er ein ganz mieses Gefühl als er die Schachtel noch mal musterte willst du mir damit etwas sagen dass du mir das verdammte Band wieder umlegen willst blaffte Draco Harry an und er riss seine Hand von seinem linken Handgelenk weg an welchem er sich gerade wieder festhielt wage es Potter wage es Harry blick hing immer noch an Dracos linken Handgelenk von welchem er sich ziemlich ruckartig losriss nein fuhr er auf nein natürlich nicht kein Band es hat auch keine Runen außer eine für Ruhe aber wenn dir das nicht gefällt mit einem silbernen Anhänger nun war es an Draco tief durch zu atmen mit spitzen Fingern nahm er Harry das Geschenk wieder ab öffnete es und besah sich den Anhänger es war ein schönes Stück und wenn er sich nicht saierte dann war es Kobold Arbeit also auch noch eine ganze Stange Geld wert die besagte Rune war nun minimal in dem daumen nagelgroßen wassertropfen ich habe den gleichen unterbrach Harry Dracos Musterung des Stückes mit leicht zittrigen Fingern da Harry anscheinend wirklich nervös war wie Draco reagieren würde zog er unter seinem T-Shirt eine feine silberne Kette mit dem selben Anhänger hervor gehen wir jetzt im Partnerlook oder was soll das werden fragte Draco nach und drehte seinen Anhänger zwischen den Fingern ich denke dass dir Jeans und T-Shirt nicht unbedingt stehen aber wenn du Wert darauf legst foppte Harry ihn und schloss dann seine Finger um seinen Anhänger umgehend wurde es zwischen Dracos Fingern warm und er sah wie Harry aufgeregt aus seinem Stuhl herum rutschte fehlte nur noch dass er auf und niedersprang so wie das Schlammblut wenn es nicht sofort genommen wurde wenn der Klasse eine Frage gestellt worden war wenn du deines in die Hand nimmst und in Gefahr bist oder meine Hilfe benötigst dann wird meiner warm und ich weiß dass du mich brauchst Draco zog eine Augenbrauen hoch und ließ die Kette zurück auf ihr Polster gleiten ich brauche deine Hilfe nicht ich kann mir schon alleine die Schuhe binden doch Harry schien nicht zu spießen aufgelegt zu sein er lachte nicht zeigte eigentlich nicht mal dass er den Gag verstanden hatte das ist mir klar ich will trotzdem dass du ihn trägst ich will wissen dass du mich erreichen kannst wenn du meine Hilfe brauchst ich denke das hatten wir schon ich bin schon groß ich kann gut auf mich selbst aufpassen so wie du auf dich selbst aufgepasst hast als wir uns zum ersten Mal vor einigen Wochen oder als du aus dem Restaurant raus bist weil ich dir bockig im kleinen Kind nicht sofort dein Wielerband abmachen wollte wie war es da als dich fünf Zauberer von hinten verflucht haben und von den Malen von denen ich nichts weiß will ich erst gar nicht anfangen kurz schwiegen sie sich an und Draco konnte die erregte Röte auf Harrys Wangen beobachten welche langsam wieder Teller und sah dann hoch nachdem er tief durchgeatmet hatte das bin ich nicht das wissen wir beide ich sorge mich um dich als wir die zwei Wochen nicht zusammen waren bin ich fast an die Decke hoch gegangen weil ich nicht wusste ob du unverletzt bist weil ich gar nichts von dir wusste und mir klar war dass du niemals meinen Namen nennen würdest falls dir etwas passiert rief durch dann sagte er dieses mal wirklich sehr viel ruhiger bitte Draco es ist dafür da dass es dich beruhigt und dass du eine Möglichkeit hast jederzeit Kontakt zu mir aufzunehmen tu mir den Gefallen und trag ihn wenn du willst dann können wir daraus auch einen Ring oder einen Armband oder sonst was machen lassen aber ich dachte mir dann biss sich Harry heftig auf die Lippen um sich über den Kopf und dann unter seinen Hemd der Anhänger fügte sich perfekt unter seinem Brustbein ein als ob er da schon immer gelegen hätte gelassen rührte Draco seinen Kaffee um dachte nicht daran das nochmal anzusprechen und auch Harry schob seine Kette zurück unter sein T-Shirt das war echt schwul Potter stellte er fest nachdem sie beide ihren Kaffee ausgetrunken hatten und sich dann über die Tischkante hinweg musterten ich weiß Draco schrecklich nicht wahr Teil 32 Draco hatte sich geweigert er hatte Zicken gemacht Harry die Hölle auf Erden gewünscht ihm gesagt dass er auf der Stelle nach Hause flohen würde aber das hatte Harry irgendwie unterlaufen der Held war ihm auf einmal viel zu nahe gekommen und hatte ihn mit diesen verdammten grünen Augen angesehen bis Draco nachgegeben hatte aber nur unter der Voraussetzung dass er das lokal für das Abendessen aussuchen durfte und jetzt saß Draco Malfoy auf einem Metallstuhl umringt von Muggeljugendlichen vor einem roten Tablett und musterte die Pommes die Cola und den Burger vor sich er würde sich hier drin sicher die Pest holen oder einen verdorbenen Magen oder die Pest oder eine Lebensmittelvergiftung oder die Pest hör auf dein Burger anzustehen du machst ihm Angst er kann nichts dafür dass du jetzt hier drin bist und jetzt probiere ihn bevor er kalt wird Draco sah Harry zu wie er seinen auspackte und dann hinein biss die Soße tropfte auf die Verpackung und ein grünes irgendwas fiel hinterher Messer und Gabel wagte Draco leise an zu merken nimm deine ich glaube mir wird schlecht verkündete Draco schwach und öffnete dann langsam und vorsichtig die Verpackung um das Brötchen mit dem platten Fleisch darauf misstrauisch beäugte er die Konstruktion schwor sich dass er sich nie wieder von diesen grünen Augen überreden lassen würde nahm den Burger langsam und vorsichtig dass er nicht auseinander fiel und weil Draco den Eindruck hatte gleich in Flammen aufzugehen er löste langsam seine Zähne welche er fest zusammen gepresst hatte sah dass Harry aufgehört hatte in sein Muggelding zu beißen und ihn beobachtete und bis hinein es war widerlich es war das widerlichste das er jemals gegessen hatte absolut abscheulich grausam so schrecklich dass er gleich nochmal rein bis und sich das Fastfood Zeug auf der Zunge zergehen ließ der Burger und die Pommes waren ja schon abartig aber die Cola das Blubberwasser war grausam so grausam dass er Lacey ab jetzt auch so etwas kaufen schicken musste vor allem nachdem Harry ihm erklärt hatte dass es Koffein enthielt süßer Kaffee mit Blubber darin Muggel konnten auf keinem Besen fliegen aber sie hatten es geschafft Kaffee kalt werden zu lassen gesüßt und dann Blubber rein fragte Harry als er sich seine Finger an der Serviette abwischte es geht sollen wir es geht morgen nochmal aufsuchen neckte Harry ihn gut gelaunt streckte seine Hand zu Dracos welche dieser aber wegzog als er sah dass Harry ihn berühren wollte Draco blickte Harry mit dem kaltesten Blick an welchen er aufbringen konnte aber Harry begann nur zu lachen ich würde ja jetzt vor deinem so fort wischte sich Draco nicht nur die Hände sondern auch den Mund sauber das war nicht mein tot esser blick das war mein slitherin ihr seid alles maden blick Harry hob die Hände und lehnte sich zurück tut mir leid ich werde in Zukunft versuchen den Unterschied zu bemerken als sie die Tabletts zu einem kleinen Wagen brachten murrte Draco ein wenig über die kleinen dummen Muggel welche es nicht schafften die Tabletts mit Zauber abzuräumen aber er verfiel in Schweigen als ihm klar wurde dass sie gerade beide über Dracos ziemlich üble Vergangenheit gelacht hatten und keiner von ihnen zusammengeschreckt war sie waren nachdem sie einige Zeit durch Paris geschlendert waren meist schweigend und jeder in seinen eigenen Gedanken versunken wieder in der Straße angekommen in welcher die Zauberer Geschäfte waren zusammen ohne sich abgesprochen zu haben traten sie einen Quidditch Laden und blieben Seite an Seite in der Menschen Masse stehen ein Verkäufer stand auf seinem kleinen Podest und sprach gestikulierend in die Menge schon gut unterbrach Draco Harry als dieser Draco neugierig betrachtete deine Bildung ist wirklich mangelhaft ehrlich gesagt verstehe ich das jetzt bei deinen Muggel verwandten aber dass du nicht mal französisch sprichst ist ein Frevel Draco schnaubte Harry antwortete ihm mit dem gleichen schnauben und Draco übersetzte eigentlich sagt er nur dass er die neuesten Rennbesen hätte und man ihn testen kann im Laden brennt der Kamin und da steht eine Verbindung zu einem Quidditch Platz auf welchen man ihn testen kann Harry schien genug gehört zu haben denn er packte Draco am Arm und zerrte ihn ungeduldig in den Laden der neue Besen soll der Wahnsinn sein super leicht noch schneller und zudem soll er einen eingebauten Zauber haben mit welchem er wie von selbst fliegt während Harry begeistert erzählte stolperten sie durch den Kamin und landeten auf einem verschneiten Quidditch Feld einige andere Zauberer waren da tranken etwas aus den dampfenden Tassen und beobachteten die schwarzen Punkte am Himmel welche die neuen Besen testeten ich weiß unterbrach Draco Harry und riss ihn den Arm weg ich hab ihn schon verdutzt wandte Harry sich ihm zu wirklich und wie fliegt er sich was sollte Draco sagen dass er verpackt mit den anderen Besen die er sich in den letzten drei Jahren gekauft hatte die letzten zwei waren wegen des quidditch spiels ausgepackt aber der neue lag in der gleichen verpackung in welcher er gekommen war auf den anderen dass er das spiel und das fliegen genauso heiß und innig liebte wie Harry aber er niemanden hatte mit dem er spielen konnte das wäre erbärmlich hast du dich mal umgesehen das weiße zeug das da auf dem Boden liegt ist Schnee einige bahn nur dass ich dann erfroren vom besen falle du kannst das machen denn dumm ist schließlich nie kalt Harry kniff die Augen zusammen und Draco fragte sich ob Harry mehr wusste als er zugab bei Gelegenheit würde er noch mal fragen ob Harry wirklich nicht seine Akte gelesen hatte nachdem sie an der Haie waren und Dracos zehn kleine Eisklumpen waren hatte der Mann welcher die Besen verteilte Harry doch wirklich erkannt Augenblicklich hatte Draco seine Kapuze übergezogen und wollte sich aus dem Staub machen aber Harrys Hand an seinem Ellbogen ließ ihn nicht los er zehrte unwillig worauf Harry ihn nur noch fester fest hielt er schüttelte Hände lächelte in zwei Kameras welche aus dem Nichts zu kommen schien aber als sie auf ihren beiden Probebesen saßen und nebeneinander durch die Luft glitten Jedes Mal duckst du dich weg machst dich klein und versuchst abzuhauen wenn mich jemand erkennt warum ich weiß nicht vielleicht weil ich ein Todesser bin und dazu noch eine heiße G-Mutation bei welcher die Leute nur warten dass ich einen Fehler mache mich mit jemandem auf der Straße zu zeigen der der mein vermeintlicher und schnitt Draco mit einer scharfen Wendung den Weg ab und du bist nicht verurteilt worden du bist frei es gibt immer idioten die dich hassen werden aber wenn du dich immer versteckt hältst wird das nicht besser ich habe auch nie den Kopf in den Sand gesteckt sondern ging nach jeder Schlagzeile in die große Halle zum Essen und deine Vila Draco zog die Schultern hoch und bis die Zähne zusammen während seine Finger um seinen Besen still fester zudrücken Herrgott hör auf damit hör auf jedes Mal den Kopf einzuziehen wenn ich Vila sage das ist ein Geschenk und kein Fluch willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen was soll denn daran toll sein nimm mir nur eine Sache stablose Magie schoss Harry sofort zurück und Draco biss sich auf die Zunge sie waren keine zwei Minuten auf und Draco auf sie beide einen Wärmezauber gesprochen hatte ohne seinen Zauberstab ziehen zu müssen einen Partner der dich immer beschützen wird fuhr Harry fort und Draco sah wie er dabei errötete keine Frau keine Kinder keinen Erwin sagte Draco kühl und verschränkte die Arme vor der Brust wobei sein Besen still in der Luft hing Harry machte eine wegwerfende Handbewegung wenn du so dringend ein Kind willst dann adoptieren wir eben eins und wenn es dir so wahnsinnig wichtig ist dass es die Malfoy Blutlinie fortführt dann gibt es eben eine künstliche Befruchtung bei einer reinbütigen Zauberin die verschränkten Arme löste Draco wieder und legte sie um seinen Besen um wenigstens etwas zu tun und um Harry nicht verwundert anzuglotzen er war noch ein Malfoy neben der Mutation und dem heißen Tattoo und Malfoys glotzten nicht dämlich durch die Gegend und wenn dir dein Name so heilig ist dann nehme ich eben deinen an wenn wir jemals vorhaben kitschig in weiß und rosa Blumen zu heiraten ist das dein Ernst fragte Draco unsicher natürlich ist es das rief Harry aufgebracht und gestikulierte mit einer Hand durch die Luft was denkst du denn dass ich dir das alles nur sage um dich ins Bett zu kriegen das könnte ich mit einem einfachen befehl sehr viel einfacher haben sie maßen sich mit blicken musterten sich durch die eisige Luft dann atmete Draco tief durch rosa blumen sehr schwul potter wirklich Harrys Gesichtszüge entspannten sich fast augenblicklich er grinste schief und neigte den Kopf ein wenig nach rechts ich dachte mir dass es zu deinem weißen kleid passen würde ich würde dich gerne umbringen wenn ich es könnte Harry lachte nur und ließ seinen Blick durch die klare Luft schweifen kannst du aber nun glücklicherweise nicht mehr und da hinten ist der Schnatz nochmal nickte Harry ihm zu dann ließ er sich fallen und raste dem kleinen goldenen Ball nach welcher zu Demonstrations er Harry vielleicht hatte der kleine Held recht gut er hatte recht schon gestern zwischen den Karies Bomben hatte er sich das gedacht dass seine Vila gut gewählt hatte für sie beide während er mal hinter mal vor und mal neben Harry durch die Luft schoss dachte er an ein Kind sein Kind um genau zu sein er sah sich nicht mehr neben einer stillen dünnen adligen Frau welche ihren gemeinsamen Erben auf den Arm hielt sondern neben Harry wie sie zusammen auf dem Boden saßen vor ihnen ihr Sohn mit blonden Haar und grünen Augen der sie anlachte sich ein Stückchen Schokolade in den Mund schob und dann mit den voll gesauten Händen und Mund zu ihn tapste sich an ihm fest hielt und Harry neben sich der dem Kind mit einem Zauber die Schokoladen Reste entfernte dem Jungen dann ein Kuss auf das hellblonde Haar gab ehe er sich bei Draco anlehnte dieser ihm einen Arm um die Schulter legte und Harry eng an sich zog Wie in Trance streckte er neben Harry die Hand nach dem Schnatz aus und gleichzeitig schlossen sich Harrys und seine Finger um jeweils einen Flügel Sie bremsten ab betrachteten den goldenen Ball zwischen ihren geschlossenen Fäusten und dann grinsten sie beide Teil 33 Ich hatte ihn vor dir teilte Harry ihm aufgekratzt mit während sie beide mit einem heißen Kaffee in der Hand durch Muggel Paris schlenderten Und nachts träumst du davon dass du mit dem dunklen Lord das Bett teilst neckte Draco ihn gut gelaunt Harry verlangsamte seine Schritte und wandte sich Draco zu Was Ich verstehe nicht warum du ihm immer noch Ehrbietung zukommen lässt und ihn immer noch Lord nennt Unwohl zuckte Draco mit den Schultern Gewohnheit Dann stell sie ab und sag es Sag Voldemort oder Tom aber ehre ihn nicht mehr er ist tot Nun war es an Draco tief durchzuatmen Eigentlich hatte Harry recht Der Mann war tot Er war schuld an der Ächtung welche auf dem Namen der Malfoys lag und an den vielen Malen welche Draco und sein Vater vor ihm keuchend und schreiend auf dem Boden verbracht hatten wenn er einen Kruziatus auf sie gelegt hatte Voldemort fragte Draco leise und wartete dass etwas geschah aber es kam nichts nichts passierte es war eben nur noch das ein Name schweigend ging sie weiter schlürften ihren Kaffee blieben vor den Geschäften stehen und betrachteten die Auslage als Harry den Kopf wandte sah auch Draco hoch und bemerkte sofort was Harrys Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte eine Eine junge Frau mit langen lockigen Haar einem schön geschnittenen Gesicht dezente Make-up einem warmen Mantel und ziemlich hohen Highheels kamen ihnen entgegen sie schien die Blicke der beiden Männer zu spüren denn sie sah hoch lächelte Harry an und Andréco zwinkerte ihnen zu und ging dann weiter ohne stehen zu bleiben während sich die beiden umdrehten um mir nachzusehen Ich denke dass ich definitiv nicht schwul bin stellte Draco trocken fest und sah zu Harry herunter der leicht errötete und dann sagte Anscheinend nicht Sie blickten sich an Harry trat näher zu ihm und küsste ihn sacht auf den Mund Winkel Ein leises gequältes Seufzen von Draco war die Antwort während er langsam wieder die Augen öffnete und immer noch den Eindruck hatte Harrys Lippen zu Warum verschwulst du diesen Moment nur so fragte er gequält nach Ach meine kleine Wheeler Harry hob die Hand und strich Dweco langsam durch die Haare Am liebsten würde dieser ihm jetzt die Hand abreißen da er ihm sicher gerade die Frisur ruinierte aber nach dem Flug auf dem Besen war da sich ja eh alles verloren und natürlich weil er ihn Wheeler genannt hatte Das sollte das erste und damit auch das letzte Mal gewesen sein sanft aber mit Nachdruck griff Harry ihm in sein blondes Haar zog ihn ein Stück zu sich herunter und küsste ihn nochmal dieses Mal richtig mehrere kleine Küsse und einen sanften Biss in die Unterlippe später war sich Draco seiner Sexualität ziemlich sicher außer Harry würde es da niemanden mehr geben wenn man seine Erektion glauben konnte Harrys Finger fanden seine verschränkten sich mit diesen und zusammen Hand in Hand gingen sie weiter Harry hatte seine Hand nicht losgelassen bis sie vor dem Wahrzeichen von Paris standen die Sonne ging langsam unter und um sie herum standen andere Paare eng umschlungen um sich das Spektakel anzusehen und um sich gegenseitig zu wärmen Harry und Draco klammerten sich Draco immer wieder das Wegzucken unterdrücken musste warum fragte er nach weil es Glück für die Beziehung bringen soll wenn man sich küsst wenn die Lichter von dem Eiffelturm angehen aber nein das ist kein dämlicher Muggel brauch und selbst wenn wir sind hier und wir sind ein Paar und wir machen das jetzt Draco sah pikir zur Seite könntest du bitte aufhören das dermaßen sonst was neckte Harry ihn und kniff ihn sanft in den Arm kann es jemand hören und ist da neidisch weil du nicht mehr zu haben bist die Augen schließend fragte Draco sich mit was er das eigentlich verdient hatte er bewegte seine Finger schüttelte leicht seine Hand dass Harry ihn los ließ hatte aber keine Chance gegen den Klammergriff seines bei Merlin seines Freundes seines Partners Harry hielt seine Hand fest und drückte sie leicht und aufmunternd immer wieder sachte als um sie herum die Kameras aufblitzten und die Pärchen sich in den verschiedensten Sprachen ihre Liebe beteuerten sah Draco kurz zu dem nun blinkenden Eiffelturm und dann runter zu Harry der ein seliges lächeln auf den Lippen hatte ehe er zu Draco hoch sah ihn zu sich runter zog er sich an Harrys Jacke fest zog ihn näher zu sich und drängte sich nah an seinen warmen Körper erst jetzt ging ihm auf wie er das vermisst hatte die Hände in seinen Haaren und an seinem Rücken der ruckartige warme Atem des anderen an seiner Wange die feuchten und ein wenig unbeholfen wirkenden Küsse die Art wie Harry ihn festhielt ihn an sich drückte als ob er gleich kaputt gehen könnte wenn er ihn zu heftig anfasste aber gleichzeitig das heftige Zungenspiel welches er mit ihm ausfacht und natürlich das kleine Seufzen welches Harry ihm schenkte bevor er sich von Dracos Lippen löste um ihn dann schief anzulächeln Harry küsste seinen Hals er kunderte mit seiner Zunge die kleine Kuhle unter Dracos Ohr und biss Es tat wie immer ziemlich weh aber Harrys leise Worte seine streichelnden und liebkosenden Fingern überall an seinem Körper ließen ihn langsam wieder entspannen Die Halskette trug Draco immer noch und der Anhänger ruhte neben ihm auf der Matratze Harry fuhr ihm mit den Fingerspitzen über das filigrane Brand Seine Kette lag neben der Brille auf dem Bett Du siehst wunderschön aus mummelte er ihm vor und begann sich langsam zu bewegen Draco biss auf die Unterlippe weil das Gefühl welches Draco ihn auslöste zwischen Schmerz und purer Lust anzusiedeln war und weil er jegliches Kommentar verbeißen wollte und das im wahrsten Sinne des Wortes Harry küsste ihn auf die Unterlippe und bewegte sich vorsichtig weiter was Draco ein halbes Keuchen entlockte Hör auf deine Lippe zu zerbeißen Du bist keine schüchterne Jungfrau meine kleine Wheeler Hör auf das zu sagen fuhr Draco ihn an aber die Aussage verlor an Schärfe als er leise und lustvoll aufstöhnte Als Antwort küsste Harry Draco einfach nochmal ehe er sich hochstemmte und sich langsam zu bewegen begann Draco genoss mit geschlossenen Augen das warme blubbernde Wasser dachte einen Tag und spürte ab und an Harry Schulter gegen seiner sie hatten sich nach dem Sex für eine Dusche und dann für den Whirlpool entschieden es schneite beziehungsweise nieselte leicht und über dem Wasser lag ein Wärmezauber sodass sie sich wirklich entspannen konnten Draco fragte Harry nach einer wunderbaren Ewigkeit in welcher sich Draco überlegte ob er nicht einfach zerfließen sollte so angenehm wie das hier drin war fragte er zurück ohne die Augen zu öffnen Draco ich denke dass ich dich sofort riss Draco die Augen auf und presste Harry eine Hand auf den Mund der sich überrascht verspannte als seine Wila neben ihm auf die Knie ging und ihn an funkelte ich warne dich sag jetzt bloß nicht dass du mich liebst Harry runzelte die Stirn zog dann Dracos Hand sich kurz über die Lippen eigentlich wollte ich ja sagen dass ich dich fehl eingeschätzt habe aber wenn du gleich an sowas denkst Sehnsucht Malfoy schlagartig wurde Draco sein Fauxpas klar und er blickte weg Merlin zu lange war er mit dem Gryffindor zusammen oder es lag an Paris der Stadt der Liebe und den süßen Stückchen er musste wieder nach Hause und sich ganz dringend mit Slyssuan Sachen schwarzer Magie und sowas umgeben vielleicht ein Bad im Blut nehmen oder sonst was in der Richtung wirklich dringend oder er hockte zu lange in dem heißen Wasser bald würde sein Gehirn gar sein nach dir niemals Potter gab er zurück und versuchte dabei so verächtig zu klingen wie es nur ging zu dumm dass seine Stimme einige Oktaven zu hoch war und sich leicht schrill anhörte sanft zog Harry an Dracos Hand welche er immer noch festhielt und führte ihn so auf seinen Schoß zufrieden musterte er Dracos Körper und seine Finger strichen ihm sacht über die Narben an seiner Brust das ist so begann Draco verächtlich schwul ich weiß reg dich ab kann keiner schüttete dann ein wenig bequemer auf Harrys Beine um mehr von den Streichel Einheiten zu bekommen ihm war klar dass er sich morgen diese Erinnerung aus seinem sowie aus Harrys Gedächtnis fluchen würde aber erst morgen jetzt wollte er dass Harry ihm über die Haut fuhr immer wieder sachte küsste und seinen Atem an seiner Wange spüren eigentlich war daran no die Vila schuld immerhin war er davor nie so versessen auf das kuscheln gewesen sicherlich sehnte nur sie sich nach der Nähe ihres Herren kurz grinste Draco mit geschlossenen Augen Harry und ein Herr Harry war so weit davon entfernt ein typischer Wieler Herr zu sein wie der Halbriese einen schöner Wettbewerb zu gewinnen es dauerte nicht lange bis er wieder erregt war und wenn er die geschickt strahlt sich die Hand des Helden zwischen Dracos Beine strich einige Male über dessen Erektion und als Draco seine Stirn gegen Harrys Schulter sinken ließ schob er sich tiefer und begann ihn sanft vorzubereiten Harrys unterstützende Hände rutschten zitternd von Dracos Hüften als er kam er hatte nachdem Draco sich vorsichtig auf Harrys Erektion niedergelassen hatte mit beiden Händen sanft nachgeholfen keine Sekunde hatte er sich gemüdet nach hinten gelehnt und ihn machen lassen und wenn er ihn nicht gerade hob dann hatte er ihn gestreichelt Draco immer wieder zu sich runter gezogen und geküsst Gott keuchte Harry und öffnete die Augen wieder Draco wow wie immer hatte er es den Helden geschafft eine Solo Nummer hinzulegen und Draco erhob sich ein Stückchen dass Harrys Penis aus ihm gleiten konnte Gott scheint nicht mit dir zu sein kleiner Held nicht was deine Ausdauer angeht bei meiner unendlichen Liebe die ich für dich empfinde aber das ist echt traurig Harry lachte nur heiser und hielt Draco an der Hüfte fest als dieser sich neben Harry sinken lassen wollte verdutzt runzelte dieser die Stirn als ihm klar wurde was Harry vor hatte und verkrallte sich sofort in dem schwarzen Haar langsam und sehr schüchtern griff Harry nach Dracos Erektion zog Draco ein wenig näher zu sich und lutschte dann sanft an dessen Spitze ohne es verhindern zu können legte Draco keuchend den Kopf in den Nacken als Harrys Lippen an seine Eichel spürte seine Finger verkrampften sich in Harrys Haaren wie lange hatte er keinen Blowjob mehr bekommen vier jahre fünf als Harry die Zunge dazu nahm konnte Draco ein kehliges Keuchen nicht mehr unterdrücken was der Held tat fühlte sich wirklich gut an da konnte er ihm glatt verzeihen dass er jedes Mal zu früh kam das war wirklich gut langsam tastete sich Harry voran und Draco gab ihm die Zeit Harry ließ ihn immer wieder aus während Draco nichts anderes tun konnte als immer wieder durch Harrys schwarzes Haar zu streichen und leise zu keuchen als sie zusammen im Bett lagen rutschte Harry näher und schlang einen Arm in Dracos Brust Draco war kurz davor dem Helden zu sagen dass er wenigstens im Bett seine Ruhe haben wollte aber dann begann die Finger ihm sacht über den Hals zu streicheln und Seite und suchte Harrys Blick welchen er aber im Dunkeln nicht ausmachen konnte zögerlich schob er seine Hand auf Harrys Seite und ließ sie dort liegen das sollte für den Anfang reichen Teil 34 das waren zweifelsfrei die sexreichesten Tage in Dracos Leben gewesen nicht dass er davor nicht auch schon die einen oder anderen spannenden Wochen oder Frauen im Bett gehabt hatte aber das was er Entgegen seiner Vermutung waren sie nicht nur zwei Nächte in Paris geblieben sondern Harry hatte sich und auch Draco für eine ganze Woche freigeschaufelt die ersten Tage mit den ersten Gesprächen waren bald entspannenderen gewichen sie hatten die haarigen Themen nur noch ab und an gestriffen aber sie umschifften sie nicht mehr wie ein Seefahrer verborgene Kliffe unter der Wasseroberfläche auch redeten sie nicht ohne Punkt und Komma meist stellte einer von ihnen eine Frage während sie durch die vielen verschlungenen Straßen schlinderten Draco hatte sehr viel über Harry erfahren und er glaubte ihn langsam zu verstehen soweit ein Slytherin ein Gryffindor eben verstehen konnte selbst das leidige Kröten Thema hatten sie nochmals angesprochen Harry hatte Draco gefragt ohne ihn dabei ansehen zu können wie viele Frauen er schon gehabt hatte und das im Louvre gut sie waren ungestört da sie sich in das oberste Stockwerk verzogen hatten in welchem nur Stilleben gezeigt wurden allerdings waren es nur für Muggelschalen mit vollen Früchten Blumensträußen oder Totentuthähnchen mit dem richtigen Zauber welchen sie am Zauberereingang erhalten hatten konnte man sich die unglaublichen Bilder ansehen die in der Muggelwelt als verschollen verbannt oder zerstört galten und hier für jeden der magisches Blut in sich trug ersichtlich waren Dweco hatte über diese Frage nur gegrinst und war ein Schritt von dem geraubt geglaubten Rubens weggetreten einiger willst du eine genaue Zahl Harry hatte sich voll geheuchelter Faszination einen drausigen zu recht verbrannten Dürer angeschaut und genickt ich bin mir nicht sicher 20 vielleicht auch 30 so genau habe ich nie mitgezählt und mit einigen habe ich öfter geschlafen das profil von Harry hatte Draco gezeigt wie er mühsam versucht hatte sich nicht anmerken zu lassen was er davon hielt und bei dir mehr als nur Ginny stumm hatte Harry den Kopf geschüttelt und Draco hatte nachsichtig genickt das erklärte die mehr als ausbare Länge des Sexes und warum er so schrecklich und unkoordiniert küsste ich habe sie geliebt sagte Harry plötzlich mit einem bitteren unterton in der Stimme als sie einen Raum weiter gegangen waren bitte ich habe sie geliebt aber als das alles mit dir und dem ganzen drumherum aufkam wusste ich dass sie einen neuen Partner finden kann du nicht vorsichtig weil Draco es immer noch vermied Harry in der Öffentlichkeit zu berühren schob er seine Hand in die von Draco dieses Mal ließ er es zu aber seit sie mir ein Kind unterschieben wollte ich meine ich weiß dass sie sich sicher war dass sie schwanger war aber dass sie mir dann eines unterschieben wollte war das letzte unbeherrsch fuhr er sich durch seine Haare und rieb sich dann über sein Gesicht dann nimmst er zu Draco der ihn ruhig betrachtete ihm war klar dass Harry die kleine stinkende Kröte geliebt hatte auch als sie beide schon das Bett geteilt hatten wenn die V-Line ihm sich nicht zu Wort gemeldet hätte dann hätte Harry sicher sehr glücklich mit der Kröte werden können da bestand für Draco nicht der geringste Zweifel aber das ist vorbei wirklich ich denke dass wir beide das schaffen können und ich würde mich sehr freuen wenn du um das gestammel und die rechtfertigung von Harry zu unterbrechen schob Draco ihm bestimmt seine freie Hand in den Nacken zog Harry nah zu sich und küsste ihn ungestüm sie lösten gleichzeitig ihre Hände und zehrten sich gegenseitig enger aneinander glaubst du man kann von hier apparieren fragte Harry ihn keuchend und Draco spürte die Erektion an seinem Oberschenkel ich hoffe es mal sehr denn ich bezweifle dass die Aufsicht es besonders gerne sieht wenn du mich gleich über die nächste sicher unermesslich kostbare Skulptur stößt um mich zu vögeln anstatt eine Antwort hatte Harry Draco nur in der Hand genommen und so schnell wie sie nur konnten waren lassen spürte Draco den Sog der Apparation und sie landeten eng umschlungen und schon dabei den anderen auszuziehen an dem kleinen Apparationspunkt in ihrer Suite dieses mal schafften sie es nicht ins Bett und entschieden sich dafür dass der Teppich auch ausreichte mit einem dämlichen Grinsen auf den Lippen zwiebelte Draco eine seiner Strähnen zwischen seinen Fingern und betrachtete den schlafenden und natürlich sabbernden Helden neben sich es war ihr letzter Morgen hier und nach dem Frühstück würden sie nach Hause reisen mit einem immer breiter werdenden Grinsen auf den Lippen dachte er daran dass sie sich langsam von dem normalen du kniest dich vögelig Sex entfernten klar endete es immer damit aber davor hatte Harry irgendwie sein Blowjob Talent gefunden und war nun ziemlich fleißig am üben auch Draco hatte seine Aversion dagegen abgelehnt und mehr als einmal war Harry in seinen Mund gekommen anders als er es erwartet hatte hatte er schon den nächsten Mülleimer anvisiert schmeckte es nicht meinem Ansatz so widerlich wie er geglaubt hatte Draco war sich ziemlich sicher dass die Wila ihr übriges dazu beitrug denn immerhin wusste sie wie gut dass Harry gefiel genauso wie Draco sich sicher war dass er schon besseren Sex gehabt hatte aber das mit Harry überstieg alles was davor jemals gewesen war sie frühstückten zusammen reisten nach hause und trennten sich dann in der Londoner Ankunftshalle kaum dass Harry die Hand hob und sich damit kurz von ihm verabschiedete Draco hatte als Harry ihm zu nahe gekommen war und einen Abschiedskuss wollte so düster angeblickt einen Augenblick lang starrte Draco auf dem Fleck auf welchem Harry eben noch gestanden hatte dann zog er sich seine Kapuze über und dachte über seinen feinen Tag nach während er nach Hause apparierte doch seine Gedanken wurden unterbrochen als ihm etwas fauchend entgegensprang nicht dass er Jumenta wirklich vergessen hatte er hatte schließlich gewusst dass Lacey sich um ihn kümmern würde und sie fütterte scheinbar Hosenbein durch auch dir einen guten Morgen sagte Draco und ging in die Hocke langsam streckte er die Hand aus und Jumenta schlug danach und verfehlte ihn um einige Zentimeter als ob Draco den Kater beleidigt hätte drehte er sich um und schritt stolzierte fast in Richtung der Treppen welche ins obere Stockwerk führten den Schwanz dabei kerzen gerade nach oben gestreckt Jumenta lockte Draco zog aus seiner Manteltasche eine Dosen Katzen Leckerlis und wackelte damit dass der Kater die darin befindlichen Leckerlis hören konnte sei kein Frosch ich habe dir was mitgebracht also hör auf so zickig zu sein und komm her der Kater wandte den Kopf ohne stehen zu bleiben blickte über seine Schulter und ging dann einfach weiter einen völlig verdutzten gefunden Jumenta rief Draco dem Kater nach welcher nur noch schneller die Stufen erklommen und Draco damit zwang ihm zu folgen nachdem Draco sich nochmal geduscht hatte denn sie hatten ein letztes Mal Sex gehabt bevor sie ihre Suite geräumt haben mussten entschied er sich dass er erst gegen Abend zu Harry gehen und seinen Tag damit zubringen würde sich die neue Frühlings Kollektion schneidern aber Harry hatte mehr als einmal in den letzten Wochen betont wie egal es ihm wäre wenn die Leute wüssten zu wem Draco gehörte allerdings hatte Draco ihm dafür jedes Mal eine Kopfnuss gegeben und mit einem ich gehöre niemanden mein junger Held geantwortet aber trotzdem hatte Harry nicht locker gelassen immer wieder hatte er Draco dazu aufgefordert sich auch mal außerhalb seines Männers und seine Arbeitsstelle zu bewegen egal wie oft Draco ihm geantwortet hatte dass es sehr viel mehr Spaß machte sich in einem dreckigen Tümpel mit Gewichten an den Beinen zu ertränken als von mehreren ausgewachsenen Zauberern verflucht zu werden war Harry nicht müde geworden es trotzdem zu wiederholen hast du meine Akte gelesen hatte Draco Harry nach dem dritten Mal gefragt als dieser das Thema wieder angeschnitten hatte die Röte auf Harrys Wangen war Antwort genug gewesen darf ich auch wissen wieso und nun waren rote Flecken am Hals dazugekommen ja ich wollte mich mit einem deiner Freundin in Verbindung setzen damit ich jemanden an der Hand habe welcher mir Bescheid gibt wenn es dir nicht gut geht oder der mir überhaupt mal sagt wie es dir geht aber in dem Bericht wurde immer wieder betont dass du dich vorschriftlich an die Vorgaben hältst ich weiß nicht wer nun zu deinen Vertrauten gehört denn die Akte und damit die Beschattung wurde noch zwei Jahren geschlossen hoffnungsvoll hatte Harry ihn angesehen Draco hatte es sich nicht nehmen lassen gelassen weiter zu schlendern und Harry auf die Folter zu spannen anscheinend hatte er Namen hören oder gar eine Adresse erwartete er auch eine Gegeneinladung denn immerhin hatten ihn die Wiesel freundlich empfangen und nun wollte Harry auch ein Teil von Dracos Ersatz Familie werden ich würde dir wirklich gerne die ganzen Namen mit Details geben mit wem ich Kontakt habe aber das darf ich nicht sie sehen es in dem SM Club nicht gerne wenn man die Namen der anderen Kunden nennt das gleiche gilt für den Rest wir halten schwarzmagische Zirkel ab und sie sind sicher nicht begeistert wenn der so blütenweiße weißmagische Held Harry Potter an meiner Seite auftaucht während wir eine Jungfrau und ein Ziegenbock auf einem goldenen Opferaltar ausweiden und uns dann für ewige Jugend das gemischte Blut auf unseren neigten Körper verreiben gibt es danach auch Sexorgien hatte Harry nachgefragt und auf den Asphalt vor ihm gelächelt und wie du glaubst gar nicht wie Halic Frauen von Blut werden also falls du die Kröte jemals rumkriegen willst dann versuche es mit einem Eimer Blut am besten nehmen und dir über den Kopf stülpen ich weiß nicht was mich mehr anwiedern soll dass du glaubst dass ich Ginny einen Eimer mit Blut überschütte oder dass ich sie jemals wieder mit etwas anderem als einer Kneifzange berühren werde dieses Mal war es Draco gewesen welcher sie beide in das Hotelzimmer appariert hatte und in welchen sie sich keine drei Minuten später heftig fummelnd knutschend und ziemlich verzweifelt versuchten die Kleidung des anderen auszuziehen wieder gefunden hatten wir sollten das Ginny Thema öfter anschneiden hatte Harry entschieden während er schläfrig über Dracos Rücken gestreichelt hatte denkst du dass du jemals deine Geilheit in den Griff bekommen wirst hatte Draco nur die Gegenfrage gestellt und dann Minimal das Gesicht verzogen als er Harry Sperma über seine Beine und Porin gespürt hatte du scheinst zu vergessen dass du uns hierher gebracht hast meine kleine sag es und es wird das letzte Mal sein dass irgendeiner von uns den anderen hierher bringt hatte Draco ihn angefahren auch wenn infizieren konnte denn die Vorteile konnte er nicht von der Hand weisen auch wenn die Nachteile natürlich überwogen wollte er es nicht hören Harry hatte gelacht und war dann weiterhin Dracos Rücken behutsam hoch und runter gefahren ich wollte doch gar nicht das böse V-Wort sagen hast mich doch nicht mal ausreden lassen mein kleiner Todesser wollte ich sagen die Winkelgasse war für das leichte Denise Werther recht gut besucht und Dweco verharrte im Schatten der Seitengasse in welcher er stand Unruhe wie jedes Mal wenn es sich nicht vermeiden ließ dass er unter die Leute ging er fasste ihn und ihm wurde leicht übel niemand traute ihm über den Weg selbst nach drei Jahren wurde er immer noch schäl gemustert wenn er einen Laden betrat die meisten vergaßen ihre Abneigung da ihnen klar war dass Dweco so viele Galleonen in seinem Verlies hatte um den kompletten Laden locker aufkaufen zu können trotzdem sah er wie sie in dem ersten Augenblick eine Hand in Richtung ihrer Zauberstelle streckten zu bekannt war sein Name sein Gesicht und seine Rolle in dem Krieg kaum einer schien sich daran zu erinnern dass er Harry und dessen Anhang das Leben gerettet hatte als sie meldvoll Männer aufgeschlagen waren aber alle wussten noch sehr genau dass sein Vater ein führender Todesser gewesen war und genau wie sie das wussten interessierte es sie nicht im mindesten dass Draco nicht sein Vater war innerlich schallt Draco sich ein Angsthasen seine Hand hatte sich schon krampfhaft um den Anhänger geschlossen welchen er unter seiner Kleidung trunk er löste die Finger langsam von dem Stoff lockerte seine zusammengebissenen Zähne streifte die Kapuze ab und trat auf die Gasse Teil 35 Eigentlich hatte er genau damit gerechnet was jetzt passierte und zwar nichts Ein alter Mann welcher als Gehilfe einen Stock benutzte sah kurz hoch als Draco aus den Seiten Arm und dann strich sein Blick weiter Niemand beachtete den jungen gekennzeichneten Todesser Das Glück war bis er seinen hochwertigen Schneider erreichte Einige erkannten ihn und zeigten mit den Finger auf ihn aber das brachte Draco nur dazu dass er seinen dauerhaften unsichtbaren Protego um sich herum verstärkte das Kinn hob und mit festen aber gleichbleibenden ruhigen Schritten weiter ging Niemand sprach ihn an oder trat ihm in den Weg Auch wenn er sich Mühe gab es so aussehen zu lassen als ob er unangreifbar und unnahbar war ran Draco sobald die Ladentür hinter ihm ins Schloss fiel ein Schweißtropfen über den Rücken welcher dann von dem Stoff aufgefangen wurde Mr. Malfoy begrüßte ihn der Geschäftsführer erfreut für seinen Geldbeutel aber eben auch für sein Wissen darum war Draco bekannt und genauso sah ihn der junge Mann an halb erfüllt von Misstrauen halb voll brennenden Verlagen nach dem Gold in Dwecos Taschen Was kann ich für sie tun kurz wies Dweco den Blick durch den Laden Streifen und stellte erleichtert fest dass außer ihm keine anderen Kunden da waren um einiges entspannter trat er in Tresen und legte eine Hand auf das Holz so dass der Mann seinen Malfoy Siegelring sehen konnte es war immer von Vorteil wenn die Leute neben der Gier nach Gold nicht vergaßen wer Dweco war ich bin ein bisschen spät für die Frühlings Kollektion dran ich war in der Gegend und wollte das nur nachholen sein Schneider Frank nickte ihm zu und rieb sich geschäftig die Hände kann ich Ihnen einen Kaffee oder einen alkoholischen Apparativ anbieten Rum auf Eis Dweco war es gleich ob sie das vorrätig hatten oder nicht wenn nicht dann sollte ihm ein Angestellter losrennen und es ihm besorgen dafür ließ er auch einen ganzen Haufen Gold in diesem Laden als erstes setzte Dweco sich in einen bequemen Sessel und sah Frank dabei zu wie er aufgeregt herumrannte und seine ganzen Verkäufer und Gehilfen zu sich berief in dem dezenten Stimmgewehr hörte Dweco deutlich dass jemand losgeschickt wurde um einen teuren Rum zu kaufen es entlockte ihm ein minimales Lächeln an sowas könnte er sich gewöhnen während ihm jemand Kekse und süßes Gebäck anbot wie immer ließ Dweco sich die neuen Stoffe und Muster zeigen entschied sich nach ausgiebiger Musterung für die beste Qualität die Farben und selbst die Knöpfe wählte er mit Bedacht aus hier Sir sagte eine weibliche Stimme neben ihm und reichte ihm ein kühles Glas mit Rum und Eis würfeln auf einem silbernen Tablett gerade als Dweco danach greifen wollte schrag die Frau zusammen und das Getränk geriet ins Rutschen sofort griff Dweco danach und hielt es so davon ab weder seine Hose noch das Gesicht der Kröte Verdutz starrte er sie an und sah dass sie ihn genauso überrascht musterte und dann wandelte sich ihr Ausdruck in Abscheu und Hass Jenny stellte Dweco ruhig fest Dweco gab sie mühsam beherrscht zurück seit wann arbeitest du hier seit einem knappen Jahr ich weiß noch nicht was ich machen will sie log Dweco kniff minimal die Augen zusammen wie Harry es immer machte wenn er herausfinden wollte ob Dweco flunkerte oder nicht sie hatte ihr Leben damit verbracht hinter Harry her zu sein und sie wollte immer noch nichts lieber als Mrs. Potter zu werden Harry und sie hatten die gleichen Wünsche an die Zukunft Kinder und das möglichst viele also würde sie weder eine Ausbildung noch einen Beruf brauchen sondern könnte sich ganz darauf konzentrieren Mutter Diesel Mama Aha macht dir der Job Spaß fragte Dweco gelassen und neppte an dem Glas während er sah wie sich die Kröte anstrengen musste nicht nach ihrem Zauberstab zu greifen und Dweco zu verfluchen denn immerhin war er derjenige der schuld daran war dass sie hier Katz buckeln musste und sich nicht auf ein bequemes Leben neben Harry freuen konnte er sagte die Kröte knapp und trat dann zurück als Dweco mehr Muster gebracht wurden mit den passenden Mustern mussten nun wie jedes Mal die Anzüge und Hemden an Dweco abgesteckt werden und zu Dwecos Freude durfte die Kröte seine Ärmel abmessen auch wenn er so getan hatte als ob er sich für die Krawatten interessierte welche ihm hingehalten wurden so hatte er doch beide Ohren aufgesperrt und deutlich gehört wie die Kröte mit ihrem Chef diskret hinter dem Tresen diskutiert hatte sie schien ihn nicht weiter bedienen zu wollen aber Frank war hart geblieben hatte etwas von Mitarbeitermangel und Geld gesagt und schließlich hatte die Kröte nachgeben müssen weißt du ich müsste dir fast dankbar sein dass du dich zwischen mir und Harry gedrängt hast begann Draco als sich niemand mehr in ihrer unmittelbaren Umgebung aufhielt natürlich sah er wie die Kröte verkrampft versuchte sich nichts anmerken zu lassen dass ihn überhaupt hörte Harry hat mich als Entschuldigung dass er so dämlich war mich für jemanden wie dich zu verlassen eingeladen willst du wissen wohin sein Blick blieb über die Kröte welche zu seinen Füßen kniete und mit dem Zauberstab verschiedene Linien auf sein anderen Schneider standen schon an den Puppen und übertrugen Drakos Maße auf den Stoff welcher sich selber zusammennähte eine Woche in der Stadt der Liebe Paris Drakow wusste dass er ihr wehtat aber auch für ihn war es eine Wohltat ihr ein wenig der Qualen zurück zu zahlen welche sie ihm beschert hatte sie wäre für seinen Tod verantwortlich gewesen unabhängig davon ob Draco irgendwann zusammengebrochen wäre oder sich doch mit einem Glassplitter die Pulse aufgetrennt hätte als die kleine Kröte nichts weiter machte als ein Stoffstück mit einem Zauber zu befestigen fuhr Draco gelassen fort wir waren essen in Museen in einer Oper was trinken und nachts haben wir uns halb besinnungslos gefögelt dass nur Harry der Typ gewesen war und zwar wirklich jedes Mal musste die kleine verlogene du kannst dir Harrys erregtes Gesicht nicht vorstellen wenn ich in ihm komme tritt er sie weiter und betrachtete interessiert wie ihre Finger zu zittern begann aber was dich wohl am meisten interessieren sollte ist etwas ganz anderes an einem Morgen hat er mir ein Schächtelchen hingestellt du weißt sicher was ich meine eines von den kleinen samtbezogenen Kistchen nun reagierte die Kröte und sah ruckartig zu Dracos linke Hand an welchem sie gerade die Stoffe absteckte und dann genauso schnell zu Dracos anderer Hand welche er gelassen auf seinem Bein liegen hatte du hältst mich doch nicht wirklich für so dämlich dass ich das kleine Schmuckstück öffentlich trage fragte Draco nachdem er sich ein Stückchen zu ihr runter gebeugt hatte eigentlich müssten der Kröte die Zähne zerbrechen so heftig wie sie diese zusammen biss und auch noch mit ihm knirschte ich hasse dich fuhr sie ihn leise an und blitzte ihn voller Wut an während sich langsam Tränen in ihren Augen sammelten nun wurde auch Dracos Ausdruck um einiges kühler wenn ich dich noch ein einziges mal dabei erwische dass du ihm zu nahe kommst dann werde ich mich nicht mehr halten können und werde meinen Mann verteidigen selbst wenn mich das nach Asgaban bringen sollte du wirst ihn niemals wieder weder berühren noch ihm Brief verschreiben er ist mein Partner und ich bin seine Wieler ich verteidige meinen Partner bis in den Tod Nun begann der Kröte dicke rin aber Draco konnte und wollte sich nicht zurück halten zu stark spürte er immer noch die zwei Wochen in seinen Knochen den Schlafmangel und er konnte fast wieder den Geschmack von Erbrochenen auf seiner Zunge schmecken hör auf zu heulen zischte er sie immer noch mit gedämpfter Stimme an dass niemand auf sie aufmerksam wurde deine Familie ist auch die von Harry und wenn er wieder bei euch zu besuch ist wirst du ihn begrüßen und dann den größtmöglichsten Abstand zu ihm halten oder ich schaffe die Distanz zwischen dir und meinen Partner hast du das verstanden leise schluchzte die Kröte auf wischte sich über die Wange und senkte den Blick ob du das verstanden hast du hast ihn nicht verdient du hast keine Sekunde verdient welche er mit dir setzen und stand nun auf sie schien sich gegen das passive heulen entschieden zu haben und schoss nun zurück gelassen lehnte Draco sich zurück und musterte die zitternde und wieder tränen vergießene Kröte möglich aber er hat mich verdient jemanden an seiner Seite der ihn nicht belügt nicht nur scharf auf das Geld und geil auf seine Berühmtheit ist ich war nie versuchte die Kröte sich zu verteidigen und hickste nun merklich aber Draco bemerkte dass er gewonnen hatte sie ließ merklich die Schultern hängen und auch ihr Stab lag nutzlos in ihrer geschlossenen Faust spar es dir unterbrach Draco sie und streifte sich die abgesteckten Ärmel ab er ließ sie fallen und wandte sich dann an Frank ich erwarte dass die Anzüge zu mir ins Männer geschickt werden Mr. Malfoy rief sein Schneider sie schienen noch nicht fertig mit dem maßnehmen zu sein aber er hatte genug von der heulenden Kröte und ging Richtung Ausgang wo ihm sein Umhang gereicht wurde hinter sich hörte er die leise aber sehr aufgebrachte Stimme von Frank der gerade die Kröte zur Schnecke machte da er entscheidend dachte dass sie sich Draco gegenüber daneben benommen hatte es war nicht seine sache deswegen ignorierte er die beiden und trat auf die Stufen vor dem Laden es regnete heftiger und Drake überlegte ob er sich noch ein Buch kaufen sollte oder eine Flasche Wein welche Harry mitbringen könnte als er die Tür glocke hinter sich hörte und die Kröte sich vor ihm stellte mit den Rücken zu den Stufen welche zu der geflasterten Straße führten was willst du hier fragte er bissig ich hasse dich fuhr sie ihn nicht minder bissig an ihre wangen glänzten noch von den Tränen welche sie vergossen hatte sie schien den Auftrag zu haben sich zu entschuldigen und Draco dann zurück in den Laden zu locken schien aber kläglich zu scheitern und Draco nun beschimpfen zu wollen soll ich jetzt heulen Weasley da musst du schon früher aufstehen aber der Hass in ihren Augen war wirklich beeindruckend wie Draco sich eingestehen musste du bist das letzte du bist ein Slytherin und Todesser du bist Abschaum du gehörst wie dein Vater nach Asgaban oder noch besser ihr habt beide den Kuss des Dementoren mehr als verdient ich werde einen Scheiß machen kann sein dass du an Harry gebunden bist aber er kann sich doch immer für jemand anderen weiter kam sie nicht gelassen hatte Draco ihre Ausführungen zu dem Todesser Abschaum Asgaban Dementoren Kuss verdienen Monolog angehört aber zwischen ihn und Harry würde sie sich nicht mehr drängen nie wieder seine Hand schnellte vor und er stieß sie heftig gegen die Brust bevor er darüber nachdenken konnte hatte er schon gehandelt Augen verwundert aufriss und ihr rotes Haar ihr ins Gesicht geweht wurde sie öffnete überrascht den Mund schrie aber nicht auf sie schien nicht damit gerechnet zu haben dass Draco seine Drohung wahr machen würde vielleicht war Draco klar dass Harry es nicht gut heißen würde dass er die Kröte verletzte selbst wenn es nur die Kröte war wahrscheinlich würde er auch verstehen können warum Draco es getan hatte vielleicht wünschte Harry sich selber dass er die verlogene Amphibie die Stufen runterstoßen konnte nichts desto trotz apparierte er die Stufen runter griff zielsicher nach dem Kragen der Kröte und bremste so ihren Sturz dass er sich nur kräftig anschlug aber sich sonst nicht verletzte ihr rotes Haar lag auf den feuchten Stufen und sie starrte Draco zu ihrem Ohr runter fass ihn an und ich werde deine Stürze nicht mehr bremsen hauchte er ihr zu dann erhob er sich und schlenderte die Straße hinunter es war ein wolkenverhangener Mittwoch als Dweco hinter dem Laden aufschlug von seinen Kollegen war noch nichts zu sehen und Dweco massierte sich ein wenig den Nacken natürlich hatte er den Dienstag Abend bei Harry verbracht er hatte erwähnt sie hatten gegessen nebeneinander gesessen und jeder in einem Buch gelesen bis Harrys Hand sich ziemlich zielsicher in Dwecos Nacken geschoben hatte und sie nach kurzer Zeit im Schlafzimmer gelandet waren in welchen sie am nächsten Morgen nebeneinander wach geworden waren Gedanken versunken schloss Dweco auf und betrat den Laden er hängte seinen Mantel auf nachdem er ihn kurz ein wenig ausgeschüttet hatte um ihn von den kleinen Regentropfen zu befreien und trat in den dreieckigen Raum er schien der erste zu sein und auch Mr. Underwood war noch nicht da der Stapel an Bestellungen hatte eine bedenkliche Höhe angenommen und Dweco ein kleines Seufzen das hieß Arbeit für ihn da auf seinem Tisch einige Bestellungen lagen welche nur er anfertigen konnte weil die anderen beiden Pfeifen dazu nicht in der Lage waren Dwecos Blick lädt durch den Raum und er stellte fest dass alle Gläser gut gefüllt waren das würde es ihm erleichtern schnell zu brauen der er nicht darauf achten musste allzu sparsam damit umzugehen dann blieb sein Blick an einem schwarzen Fleck auf dem Boden haften und er runzelte die Stirn während er darauf zuging je näher er der Lache kam desto größer schien sie zu werden zudem fiel nun das Licht in einem anderen Winkel darauf und Dweco sah zu seiner Bestürzung dass die Flüssigkeit auf dem Boden eindeutig Blut war Panik wallte in ihm auf seine Schritte beschleunigten sich genauso wie sein Herz Schlag und er atmete kurz erleichtert auf als er erkannte dass nicht Mr. Underwood in dem Blut lag sondern das Akne Paradies um den war es nicht schade vor allem weil Dweco sich zu gut vorstellen konnte dass dieser Idiot sich an seinem eigenen Zauber verletzt hatte den Zauberstab hatte er sofort in der Hand und trat zu dem Bewegungslosen während das Blut welches immer noch aus der Pickelfresse heraus lief obwohl Dweco keine Schnitte sehen konnte widerlich schmatzende Geräusche unter seinen Schuhen machte er ging in die Hocke ohne dass der Stoff seiner Hose mit dem Blut in Berührung kam musterte das bleiche Gesicht von seinem Kollegen und hob seinen Stab um einen helfenden Spruch zu sprechen er wusste dass es zu spät war bei den Massen von Blut auf dem Boden musste es schon seit einer Minute vor sich hin bluten mit einem schlichten Zauber erschien eine Kugel auf der Höhe des Herzens sie blieb schwarz und zeigte keinen Herzschlag mehr an keinen Augenblick später verschwand die Blase wieder Malfoy was machst du da ohne dass Draco ihn wahrgenommen hatte war der Verschnitt in den Raum getreten und starrte Draco an dann wanderte sein Blick zu dem Blut in welchem Draco kniete und dann zu seinem Freund er den Finger hob und auf Draco zeigte du Mörder der Verschnitt zog seinen eigenen Stab hob ihn in die Luft und rief mit einem einzigen Spruch nach einem Auroren vollkommen verdut starrte Draco den Hufflepuff an welcher seinen zitternden Stab auf Draco richtete und weiter vor sich hin stammelte ich dachte nie aber die Drohungen so ein netter Freund wie kannst du nur eben schrie schrill auf bleib knien hey fauchte Draco zurück als ich doch weiter kam er nicht denn ein Auro apparierte in einem leicht genervten Gesichtsausdruck neben den Verschnitt na wenigstens würde er ihm zuhören was hier passiert war aber er hatte sich noch nie in seinem Leben dermaßen geirrt der Auro musterte den Verschnitt folgte dann seinem ausgestreckten Zauberstab und reagierte blitzschnell welcher ihn zwang seinen Zauberstab und sich selber in die Blutlache fallen zu lassen gelähmt hörte Draco weitere Personen in kurzen Abständen apparieren es brach ein Stimmengewirr los und mehrere Flüche welche ihm einem Schauer nach dem anderen durch seinen Rückenmark jagten dicke Seile schlagen sich um seinen Körper sowie seine Hände und kleine Fäden banden seine Finger zusammen während er den Geschmack von fremdem Blut auf der Zunge hatte starrte er in das Gesicht von dem Agne Paradies er hatte die Augen geöffnet und aus seinem Mund hing seine Zunge sein Hals sah seltsam verrenkt aus langsam sickerte Draco die Gewissheit ein genauso wie das Blut welches langsam seine Kleidung durchtränkte dass sich niemand für seine Sicht der Dinge interessierte Teil 36 Panik durchzog ohne die Möglichkeit zu haben den Kopf zu wenden um ihn herum apparierten Auroren zumindest dachte Draco das denn mehr als das verpickelte Gesicht vor ihm und ein wenig von den Vorratsregalen dahinter sah er nicht jemand glaubte seinen Zauberstab aus dem Blut ohne dass Draco erkennen konnte wer es war er wollte auf begehren und seinen Stab zurück verlangen doch er konnte die Lippen nicht bewegen das Stimmengewirr um ihn herum nahm zu und immer wieder hörte er die schrille Stimme des Verschnitts zwischen den anderen herausstechen was er sagte konnte Draco nicht verstehen da seine Ohren sich anfühlten als ob sie mit Watte zugestopft wären vielleicht lag es nicht an seinem Körper und dem Schock Zustand in welchen er sich befand sondern jemand hatte ihn wirklich unter einen Zauber gestellt das er er hörte nur seinen eigenen Herzschlag in seinem Ohr welches auf dem Boden und damit in dem Blut lag und seinen rasenden Atem wenn er sich nicht schnellstmöglich beruhigte würde er eine Panikattacke bekommen und deswegen zwang er sich seine Augen zu schließen es half ein wenig als er sich das Bett in Paris vorstellte in welchem er und Harry so viele Stunden verbracht hatten einer der Auroren schien einige Zauber von ihm zu nehmen denn auf einmal hörte er die vielen Stimmen deutlicher hörte einige Wortfetzen und er konnte auch seine Beine wieder spüren er atmete erleichtert auf als ihn zwei Hände an den Oberarm packten und ihn aus der Lache und damit weg von der Leiche zogen kaum dass er stand geriet er ins straucheln und war dem Mann neben sich mehr als dankbar dass er ihn ungerührt festhielt und ihn dann mit sich zog der Auro führte ihn zu einem Stuhl welchen ein anderer aus der Luft beschworen hatte und drückte ihn darauf augenblicklich schlagen sich Ketten um seine Knöchel und seine zusammengebundenen Arme welche ihn schmerzhaft in den Rücken drückten so dass Dweco sich ein Stückchen nach vorne lehnen musste um den Schmerz ein wenig auszugleichen Name fragte der Auror zog Dwecos Arbeitszocker zu sich und ließ sich darauf sinken aus den Augenwinkeln konnte Dweco vier weitere Auroren sehen die mit gezogenen auf ihn gerichteten Zauberstäben hinter ihm standen und nur darauf warteten dass Dwecos wagen sollte sich zu bewegen aber weglaufen stand außer Frage genauso wie apparieren dafür dass er an Ort und Stelle blieb und sicher die Zauber welche sie auf ihn gesprochen hatten hören sie ich habe Name unterbrach ihn der Aura ungerührt Draco Malfoy Blut Status sollte das ein Witz sein jeder in diesem Raum hatte ihn nach zwei Sekunden erkannt und wenn sich die Auroren nicht permanent in einem Keller versteckten und sich gegen die Außenwelt abschotteten dann müssten sie auch wissen was er war Sein Name und zu den wildesten Spekulationen eines der besten Beispiele schwamm in seinem eigenen Blut kurz irrte Dracos Blick zu dem Akne Paradies dessen Körper unter einer Schicht von verschiedenen farbigen leichtschimmernden Netzen lag mehrere Heiler oder eben Leichen Beschauer oder wer auch sonst immer sich um die Toten kümmerte und sie untersuchte standen oder hockten neben der Pickelfresse sie schwangen ihre Stäbe durch die Luft und weitere Lichtfäden drangen durch den Körper des Toten und legten sich auf ihn wie ein Konkorn Keine fünf Meter davon entfernt hielt sich eine ganze Gruppe von Auroren auf die anscheinend den Raum nach Beweisen oder nach verborgenen Zaubern durchsuchten Vielleicht standen sie auch nur rum warteten bis es Zeit zum Mittagessen war und langweilten sich Gerade noch konnte Draco Aufsraum geführt wurde Warum war er nicht bei ihnen um seine Aussage abzugeben und sich dann nicht mehr um den Mist kümmern zu müssen der hier gerade ablief Warum durften die beiden den Tatort verlassen und er wurde hier an einen Stuhl gebunden Blut Status wiederholte der Aura fordernder welchen Draco zusammen mit seiner Frage schlicht vergessen hatte Halb Blut sagte Draco und fixierte den der Schock wieder nachzulassen denn nun nahm Draco den metallischen Geruch nach Blut und Tod an sich selber war er vermied es an sich runter zu schauen er wusste nicht ob er dann sein Frühstück drin behalten konnte auch wenn er bei vielen Tötungen dabei gewesen war wenn Voldemort oder einer seiner ranghungen Todesser ein Muggel oder einen Verräter abgeschlachtet hatten so hatte Draco sich immer im Hintergrund gehalten aber nichts desto trotz war ihm jedes Mal übel geworden und er hatte lieber auf seine Schuhe gestarrt als auf den ausblutenden zuckenden Körper Spezies fragte der Auror er schien ein wenig ungehalten weil er die Frage wohl zum zweiten Mal stellen musste Wähler der Mann vor ihm nickte knapp und dann kam die unvermeidliche Frage Wer ist ihr Herr Darauf würde er nicht antworten Er alleine mit einer Vergangenheit als Todesser und nun als Vila war ja schon interessant aber wenn er Harry mit reinziehen würde dann würde die Presse und Öffentlichkeit wie die Testrale auf einen Brocken Fleisch Hören Sie mir mal zu Ich habe mit dem Tod von Panisch fiel Draco ein dass er vergessen hatte wie der Idiot hieß Ich habe nichts mit dem Tod von ihm zu tun Knapp nickte er in die Richtung von dem Agne Paradies Und sie werden sicher verstehen dass ich deswegen nicht vorhabe den Namen meines Herrn zu nennen Als ich mich registrieren lassen musste wurde uns auch versprochen dass niemals ein Name an die Öffentlichkeit gerät Schien schief gelaufen zu sein und ich sehe es nicht ein auch noch Öl auf die Flammen zu gießen nur dass sich einer ihrer Kollegen eine goldene Nase verdient wenn er es den Propheten steckt sie wollen mir keine Auskunft geben fragte der Auro kurz angebunden schüttelte Draco den Kopf worauf der Mann vor ihm seinen Kollegen zunickte und sich wieder zwei behandschuhte Hände auf seine Schulter legten die Ketten lösten sich und verschwanden dann wurde Draco unsanft hochgezogen ins Ministerium ordnete der Mann an und blickte zu Dracos beiden Bewachern halt forderte Draco mit so viel Autorität wie er mit gefesselten Händen auf den Rücken und Blut in den Haaren und Gesicht aufbringen konnte wieso nur weil ich meinen Herrn nicht nennen will das können sie nicht machen das ist eine Sache zwischen ihm und mir der ranghöchste Auror welcher sich schon von Draco abgewandt hatte blieb stehen kam zurück und deutete auf die Leiche welche wieder frei von zaubern war deswegen Mr. Malfoy weil sie diesen Mann umgebracht haben Draco schnappte nach Luft ich soll was getan haben ich wollte ihm nur helfen und außerdem kannte ich ihn gar nicht und sie denken doch nicht dass wir ein Zauberer welcher mit gezogenem Zauberstab vor einem Auror neben einer Leiche vorgefunden wird einfach wieder freilassen sollte sich der Verdacht gegen sie nicht erhärten werden wir sie natürlich baldigst wieder aus der Untersuchungshaft entlassen teilte der Auror ihn mit nickte dann nochmal Dracos Bewachern zu und entfernte sich dann mit großen Schritten sie landeten in einem abgesperrten Bereich und Draco wurde immer noch voll mit Blut und mit zusammengezerrten Händen auf seinem Rücken ein Draco die Zauber nicht sehen konnte welche sie durchquerten so spürte er doch das leichte Kribbeln auf seiner Haut hinein kammern wohl leicht nur würde er alleine nur mit einer Erlaubnis wieder herausspazieren können der Gang durch welchen sie gingen gehörte eindeutig dem Ministerium auch wenn er von mehreren Auroren in unterschiedlichen Abständen gesichert wurde dieser Teil schien separiert und nur durch dem restlichen Gebäude so dass die Auroren bequem zwischen diesem Teil und den Büros hin und her wechseln konnten nur würden sie diesen Draco sicher nicht zeigen immerhin war er hier als Hauptverdächtiger in einem Mordfall wenn die Sache nicht so ernst wäre dann würde Draco sich nicht mehr einkriegen vor lachen er war wegen seiner Mordversuche an Dumbledore nicht verurteilt worden er war auch nicht dafür verurteilt worden dass er einer rassistischen Organisation angehört hatte und jetzt hatten sie ihn wegen einem drittklassigen Zauberer in Gewahrsam genommen auch als er wegen seiner Todesserzeit befragt wurde kam und ging er wieder aus dem Ministerium ohne dass ihn dabei jemand schiel angesehen hätte das Zimmer in welches er gebracht wurde lag hinter einer einfachen braunen Holztür wie sie den ganzen Gang deutete auf einen Stuhl auf welchen Draco sich widerspruchslos sinken ließ kurz hatte er die Hoffnung dass ihm die Fesseln abgenommen werden würden oder er wenigstens etwas zum trinken bekam denn er hatte immer noch den metallischen Blutgeschmack im Mund doch nichts der gleichen geschah die beiden wandten sich von Draco ab und verließen den Raum erst mal atmete Draco tief durch und versuchte seine Gedanken zu ordnen doch in seinem Kopf herrschte dasselbe Chaos wie damals als sein Vater ihm eröffnet hatte dass es nun an ihm lag die familienehre wieder gerade zu rücken und er dafür in den Kreis der Tod er erhoben wurde also versuchte er sich selber zu beruhigen indem er den Raum musterte doch außer der Holztür dem Metalltisch vor ihm dem Metallstuhl fast war Draco ein wenig enttäuscht dass es keinen Spiegel gab durch welchen man in den Raum sehen konnte aber nicht auf die anderen Seite solche wie er einen Muggelfilm gesehen hatte welcher er zusammen mit Harry gesehen hatte Harry liebte Action Filme und auch wenn Draco es ihm nie gesagt hatte so verstand er die Faszination dafür Die Tür öffnete sich wieder und ein Heiler und schwer an dem limongrünen Kittel zu erkennen nebst einem Aura kam hinein Der Aura lehnte sich gegen die Wand und starrte gelangweilt dem Heiler hinterher Dieser öffnete die Akte welche er bei sich trug und überflog sie Mr. Malfoy fragte er dann und blickte kurz über seine Brillengläser zu Draco welcher sich unangenehm an seinen früheren Schulleiter erinnert fühlte Mein Name ist Bacon Ich werde ihnen nun die Fesseln abnehmen Dankbar nickte Draco und ließ den Mann hinter sich treten Er spürte den Zauberstab wie er an seinen Armen und an seinen Händen entlang fuhr und wie sich die einschneidenden Fesseln von seinen Armen und seinen Fingern lösten Seine Muskeln schmerzten als er seine Arme nach vorne nahm sowie die Schultern zirkulieren das kann ein wenig schmerzhaft sein fuhr der Schinken fort reichen sie mir bitte ihre Hände wie gewünscht streckte Draco seine Hände aus und sah deutlich an seinen weißen Fingern und unter den Fingernägeln das braune eingetrocknete Blut kleben auf seinem Anzug schwarz in schwarz fiel es nicht weiter auf ihm wurde leicht übel und er sah weg ich werde ihnen nun neue Schulter und Oberarm ließ langsam nach und er machte etwas anderem Platz Verwunderung warum musste extra ein Heiler herkommen um ihm die Fesseln abzunehmen natürlich konnte es gefährlich werden wenn die Muskeln so lange krampfhaft in einer Position gehalten wurden aber wenn seine innere Uhr Draco nicht täuschte dann war seit seinem kleinen unfreiligen Bart in der Siffe von der Pickelfresse erst er sich fast nicht vorstellen noch während er seitlich auf den Holzfußboden starrte um die Blutflecken nicht sehen zu müssen spürte er eine bekannte Schwere um sein Handgelenk und wandte rückartig den Kopf genauso schnell zog er seine Hände zurück aber um seine beiden Handgelenke schlangen sich schon die verhassten Wieler Bänder was soll das fuhr Draco den Heiler an und sprang auf dieser reagierte vollkommen gelassen steckte seinen Zauberstab wieder zurück in sein Kittel und lächelte ein wenig nachsichtig doch bevor er sich erklären konnte schnautzte Draco ihn gleich weiter an mein Herr hat sie mir abgenommen sie haben kein recht sie ohne sein Wissen wieder anzubringen Mr. Malfoy erklärte der Schinken in seiner Seelen Ruhe als ob er es öfter mit blutverkrusteten wütenden Vilas zu tun hatte sie befinden sich in einer sehr emotionalen angespannten situation sie tragen ihr band nicht mehr und niemand wird es ihnen wieder anlegen wenn es nicht dringend nötig wäre sie wollen ihren Herrn nicht nennen was ihr gutes recht ist aber es ist nicht erwünscht dass sie den auroren oder sich selber Schaden zufügen nur weil sie ihre Magie nicht mehr im Zaum halten können dazu ist das andere Wand da es ist mit einem Zauber durchwoben mit welchem es ihnen nicht mehr möglich ist ihre Vila Magie einzusetzen ungläubig hatte Draco den Schinken und dann die Bänder um sein Handgelenk angestarrt aber ich war es nicht murmelte er und sogar er hörte wie gebrochen sich seine Stimme anhörte der Schinken schob seine Brille auf die Nase darüber kann ich nichts sagen ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag er ging zur Tür ließ sie sich öffnen und der Aura folgte ihm wie ein Schatten mit albernen Tränen in den Augen starrte er das verhasste Silber an welches sich eng um seine Handgelenke schlang er war nicht hier um eine Aussage zu machen sondern weil er dringend tatverdächtig war einen immer noch leicht schmerzenden Schultern langsam ließ er die Arme wieder sinken er würde hier nicht den Kopf verlieren nur weil die Idioten einen Fehler gemacht hatten dafür war er zu sehr Malfoy und Slyssuan Teil 37 Seine Zunge klebte an seinem Gaumen als er sich langsam wieder setzte die Finger zusammenschob und wartete er hatte es nicht erprobt ob seine Vila Magie noch funktionierte er bekam im eigenen Leib zu spüren wie wirksam das selber war denn die dreifache Menge beruhigte ihn als ob er die ganze Zeit Kamillentee trinken würde kurz spielte er mit dem Gedanken sich an Harry zu wenden und den Anhänger in die Hand zu nehmen schallt sich dann aber selber einen Dummkopf sie würden ihm ein Fläschchen Veritaserum besorgen welches er austrinken würde und dann würden sie wissen dass Dweck es nicht gewesen war also stellte er sich aufs warten ein denn wie er die Bürokraten kannte würde es ewig dauern ehe sie ihm den Trank besorgt hatten seine innere Uhr hatte sich verabschiedet und er wusste nicht mehr ob er eine zwei oder nur eine halbe Stunde in dem kahlen Raum gesessen hatte aber er war Underwoods Laden in die Mangel genommen hatte sowie zwei weitere die Dweck noch nie gesehen hatte er trug eine Akte bei sich welche auf dem Tisch zwischen sich und Dweck legte dann setzte er sich er musterte Dweck und dann sagte er als er sich zurücklehnte wollen sie etwas zu trinken haben Tee Wasser ein leises angespannte schnauben konnte Dweck nicht unterdrücken sie können mir das Veritaserum auch einfach so geben der Aura runzelte die Stirn nun Mr. Malfoy wie ihn bekannt sein dürfte können wir das nicht tun vielleicht lag es an Dweckos verständnislosen Blick oder er hörte sich einfach nur gerne selber reden denn er fuhr ohne Aufforderung fort sie sind eine Wieler wir können ihre Magie bannen aber wenn wir ihnen einen Zauber zuführen wird ihre innere Magie geblockt oder nicht das Serum in kürzester Zeit neutralisieren sie werden sicher verstehen dass wir unsere Ressourcen nicht verschwenden wollen erst wurde Draco heiß dann eisig kalt dann schauen sie sich meine Erinnerung an ich habe ihm nichts getan sprudelte es panisch aus ihm hervor vor sich sah er schon die hohen Mauer von Asgaban auf Ragen und er spürte nicht mehr bewachten Erinnerung kann man sehr leicht manipulieren deswegen sind sie nur von nicht involvierten Zeugen zugelassen wie Mr. Woman was hatte das Verschnitt gesehen ihn auf dem Boden neben der Leiche mit gezogenem Zauberstab panik walte Draco hoch überprüfen sie meinen Zauberstab ich habe Mr. Malfoy unterbrach ihn der Aura Barsch lassen wir dieses Spielchen der ganze Raum war voll von ihrer Magie durchzogen der Körper von Mr. Havel wies deutliche Anzeichen ihrer Zauberkraft auf ja weil ich überprüfen wollte ob er noch lebt deswegen habe ich einen Diagnose Zauber auf ihn gelegt tief holte Draco Luft und fuhr fort bevor der Aura ihn wieder unterbrechen konnte und außerdem arbeite ich dort seit drei Jahren natürlich wird alles von meiner Magie durchzogen sein auch wie ein Weihnachtsbaum leuchten wenn man ihn auf ihre Magie untersuchen würde der Aura seufzte auf und rieb sich über sein Gesicht dann schlug er die Akte auf er studierte sie einige Zeit während Draco sein eigenes Herz in seiner Brust glaubte Hämmern zu hören der Mord wäre perfekt gewesen wenn Mr. Roman nicht ein wenig früher als gewöhnlich auf der Arbeit erschienen wäre er überging Dracos Aussagen einfach warum hätte ich ihn denn umbringen sollen er hat mich nicht mal im mindesten interessiert versuchte Draco seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen welche sich nach und nach enger zogen wir haben beeidigte Erinnerungen welche eindeutig belegen dass sie nicht nur Mr. Roman sondern auch Mr. Havel des öfteren gedroht haben zumindest haben wir als weiteren Zeugen Mr. Underwood welcher in einen handfesten Streit zwischen ihnen drei geraten ist sie haben die beiden Zauberer entwaffnet und ihnen gedroht dass sie so wörtlich ihnen in nur einer Minute so viele Flüche auf den Hals hexen könnten dass die heiler Jahre brauchen würden um alle Schäden zu entfernen ganz zu schweigen von den Malen in welchen sie gedroht haben ihre Leiche verschwinden lassen zu können weil ihnen das als Vila besonders leicht fällt sie hätten auch schon einen passenden Ort gefunden eigentlich wollte Dweco einwenden dass sie ihn getriezt und teilweise auch mit ihrer Nichtachtung gemobbt hatten aber was würde das bringen er hatte neben der Leiche gekniet und nicht der Verschnitt also schwieg er und der Aura fuhr fort alle Beweise sprechen gegen sie also warum geben sie es nicht einfach zu das würde sich positiv auf ihr Strafmaß auswägen ich würde es jetzt zugeben aber ich war es einfach nicht begehrte Dweco auf ich bestreite ja gar nicht was ich alles gesagt habe aber das beruhte immer auf Gegenseitigkeit wir mochten uns einfach nicht aber deswegen bringe ich ihn doch nicht einfach um sie scheinen sehr empfindlich auf ihre Vila Sache zu reagieren darf ich fragen warum fragte der Auror einfach weiter und überging diese Aussage vollkommen weil ich ein Reimblut war bis diese Seuche in mir ausgebrochen ist verstehend nickte der Auror sagte dann aber kann es nicht auch ein Grund für den Mord sein dass ihr Herr sie verleugnet vollkommen verdutz startet Dweco ihn an bitte was ihr Herr hat sich nie öffentlich zu ihnen bekannt wollten sie so seine Aufmerksamkeit erlangen indem sie einen Mord begehen das ist doch Schwachsinn fuhr Dweco auf mein sogenannter Herr hat mir mein Band abgenommen dass ich weiterhin als normaler Zauberer leben und arbeiten kann er will nicht genannt werden und das akzeptiere ich sofort schwenkte der Aura seine Taktik um hat er ihn aufgetragen dass sie Mr. Havel umbringen sollen war es ein Befehl von ihm so dass sie diesen ausführen mussten sollte dies der Fall sein so wird der Herr hart bestraft und sie können regelmäßig Kontakt zu ihm haben so dass sie nicht unter den Entfernung Schmerzen zu leiden haben er wird für den Tod bringenden Befehl bestraft nicht sie als Wieler welche ihn ausführen mussten sie würden nur mit einer Verwarnung davon kommen immerhin können sie nicht gegen einen dränken Befehl stemmen ungläubig öffnete Draco den Mund und schloss ihn dann wieder nein presste er dann zwischen den Zehen hervor er kannte den Toten überhaupt nicht wieso sollte er mir da befehlen ihn umzubringen das ist doch Schwachsinn dann kam sie also heute morgen in den Laden und Mr. Havel war schon anwesend sie unterhielten sich er wurde neugierig und aufdringlich wie ich von ihrem Kollegen gehört habe war ja nicht immer ganz einfach und zudem recht neugierig sie unterhielten sich also und er bohrte nach zu wem sie gehören er stichelte fragte nach zog sie auf weil ihr Name durch die Pressemühlen getreten wird und ihr Heer sich weiterhin bedeckt hält P sagte sie und dann konnten sie sich ohne das beruhigende Silber und der längeren körperlichen Distanz zu ihrem Herrn einfach nicht mehr zusammen reißen und haben ihn mit einem Sektum Sempra in den Rücken angegriffen kurz kniffed Draco die Augen zusammen und öffnete sie dann wieder wenn ihm wirklich eine Schlinge um den Hals liegen würde dann wäre er jetzt sowas von stranguliert er wünschte sich nichts sehnlicher als endlich zu hause in seinem Bett wach zu werden oder dem von Harry oder dem Bett in Paris dem Geruch von frischen Croissants in der Nase zu haben und die Dusche zu hören weil Harry vor ihm wach geworden war nein sagte er leise und sah den Aura fest an als ich reinkam war er schon tot lesen sie meine Gedanken und sehen sie es selbst wieder lächelte der Aura gehört hatte ich denke nicht dass wir hier weiter kommen sie wissen selber dass man auch Gedanken manipulieren kann und in ihrer Akte ist vermerkt dass sie ausgezeichnet in Oklomentic sind ich mache ihnen einen Vorschlag zur Güte sie nennen mir den Namen ihres Herrn wir setzen uns mit ihm in Verbindung und sobald er bei ihnen ist will er ihr Gedächtnis vielleicht ein wenig auffrischen steckt fuhr erst Draco durch den Kopf doch sagen tat er ich wiederhole mich sehr gerne er hat kein Interesse im Rampenlicht zu stehen er will nicht genannt werden und wenn sie so ein großer Wieler Versteher sind dann sollten sie wissen dass ich mich nicht gegen den Wunsch meines Herrn zu wehr setzen kann der Auror nickte wieder kurz fragte sich Draco ob das zu seiner abnickte was der Gefangene von sich gab aber es gibt immer eine Möglichkeit diese Befehle ein wenig miss zu verstehen darauf erwiderte Draco nichts er musste keinen Befehl umgehen da es schlicht und einfach keinen gab der Aura musterte ihn noch einen Augenblick und stand dann auf er wandte sich zur Tür und Draco ließ die Schultern hängen gab seine angespannte Sitzhaltung auf ach zwei Sachen noch Mr. Malfoy sagte er und drehte sich zurück zu ihm Draco spürte wie er sich wieder verkrampfte und sich zwingen musste sich wieder zu konzentrieren wo waren sie die letzte Woche laut ihrem Arbeitgeber haben sie sich eine Woche freigenommen im stillen dankte Draco allen Göttern dass Mr. Underwood Harrys Namen nicht preisgegeben hatte der alte Mann wusste sehr genau wer Dracos Herr war und wo er zu finden war wahrscheinlich hielt Harry sich in diesem Gebäude auf und war vollkommen unwissend in was für einem Schlamassel Draco festsaß Urlaub sagte Draco knapp darf ich fragen wo und mit wem natürlich dürfen sie das fragen haben sie ja eben schon giftete Draco ihn an er fühlte sich unglaublich müde und erschöpft er konnte nicht glauben dass heute morgen noch alles in bester ordnung gewesen war dass er sich an Harry geschmiegt hatte und ihm dieser verschlafen einen unkoordinierten kuss auf das ohr gegeben hatte warum hat er nicht auf Harry gehört der gejammert hatte dass er nicht aufstehen wolle dass sie ruhig noch einen tag krank feiern und sich den ganzen tag mit pizza und schlechten film im bett bequem machen könnten Draco wenn Draco noch einen tag lang weg wäre da die beiden anderen nichts auf die reihe brachten morgend hatte Harry nachgegeben und sich in den neuen kissen vergraben Harry hatte ein neues bett gekauft ein größeres mit schön passenden verzierungen aus holz am kopf sowie am fußteil das komplette gestell die dazu passende matratze war viel größer gewesen und Draco hatte zufrieden die neutrale gestern abend eng umschlungen auf die matratze gefallen waren vielleicht hatte er sich bei diesem blowjob besonders viel mühe gegeben weil Harry das neue bett auch für ihn gekauft hatte es war eine mischung aus Harrys altem welches dracos flammenzauber zum opfer gefallen war aber auch eben viel für dracos geschmack dabei es war ihr bett nicht mehr harrys oder gar das von harry und der kröte sondern ihres auch wenn draco nicht in die kaufentscheidung mit einbezogen worden war er hatte als harry unter ihm gelegen hatte und eifrig dabei gewesen war dracos hemd zu öffnen gesehen dass das wappen von slytherin in das kopfteil geschnitzt war auf der seite auf welcher er immer schlief ein kurzer blick auf den anderen schlafplatz hatte das wappen der gryffindors gezeigt dafür und dafür dass harry das bett doppelt so breit gekauft hatte da draco sich einmal über die zu geringe beinfreiheit beschwert hatte hatte er sich harrys händen entzogen welche ihn enttäuscht angesehen hatte draco hatte ihm einen kuss auf die lippen gedrückt ehe er an ihm rückwärts runter rupft war und sich an der goethe schnalle des hellen zu schaffen gemacht hatte er war nicht ganz uneigennützig gewesen weil harry danach viel länger durch hielt draco dadurch auch meist beim sex zum orgasmus brachte und nicht nur durch den handjob danach ich nehme nicht an dass sie mir sagen wo sie waren riss die frage des aurors ihn aus seinen gedanken doch natürlich ich war verreist ich musste mal den kopf freikriegen habe mir hingeflogen wo der wind mich hingetrieben hat ist das wichtig fragte er nach für uns ist alles wichtig mr melfoy noch etwas würden sie mir bitte den magischen gegenstand überreichen welchen sie unter ihrer kleidung tragen wieder brauchte draco einige augenblicke ehe er verstand dass sie harrys anhänger meinten welchen er um den hals trug wieso fragte er nach um zeit zu schinden das war vielleicht die einzige möglich um kontakt mit harry herzustellen und natürlich war es das erste geschenk von ihm gewesen nach dem neuen sauberstab aber das war eher ein wieder gut machungs geschenk gewesen er wollte das schmuckstück nicht in die dreckigen griffeln von den arroren sehen es bedeutete ihm etwas dass harry das gegenstück bei sich trug weil wir ihnen nicht gestatten können dass kette samt dem anhänger über seinen kopf und ließ sie in die hand des mannes fallen der aura musterte das schmuckstück eingehend drehte es zwischen seinen fingern hin und her tippte mit dem zauberstab dagegen und sagte dann ah ein kleiner magischer kern eine verbindungsmöglichkeit zu einem anderen stück mit dem selben kern wer hat denn das gegenstück plauderte er scheinbar desinteressiert jetzt sagen dass harry das konterfei um seinen hals trug auch seine mutter war keine gute alternative und ansonsten gab es da niemanden bei dem es plausibel klingen würde keine ahnung ich trage es weil es aus silber ist und nicht ganz so auffällig wie das armband ich habe es in einem der verliese der melphoys in greenwards gefunden und konnte nichts verdächtiges daran feststellen wissen magischen kern finden kann vor der aura fort als ob er dracos aussage gar nicht gehört hätte und warum haben sie es dann nicht schon längst gemacht sondern versuchen aus mir heraus zu bekommen wer das gegenstück besitzt fragte dracos spitzfindig nach meines wissens nach könnten sie die beiden stücke wenn eines existiert nebeneinander halten und alle sprüche sprechen die ihnen einfallen aber es wird sich keine verbindung zwischen ihnen auftun draco war ein schlizwin und er erkannte eine falle wenn man sie ihm zu füßen legte eine letzte frage dann lasse ich ihnen kaffee bringen der aura ließ den anhänger in seiner hand verschwinden und wandte sich nun wieder komplett draco zu ihnen ist klar dass sie bei ihrer vorgeschichte lebenslang in askaban landen plötzlich wurde draco schlecht und er schien wieder die kälte der dementoren zu spüren welche sich unter woldemort frei in den landen und im ministerium bewegt hatten er erschauderte minimal und hoffte dass es den geschulten augen der männer entgangen war dann sagte er wenn ich es getan hätte ja aber ich habe hawell kein haar gekrimmt wenn die situation nicht zu verfahren wäre dann würde draco nun über diesen wortwitz schmunzeln denken sie über diese aussage nach ich muss einige berichte von den heilern und den anwesenden auroren durchgehen genießen sie ihren kaffee und endlich drehten sich alle drei um und verließen den raum eine kurze zeit später brachte ihm ein aura einen schwarzen kaffee und ein halbes sandwich welches draco nicht mal ansah sondern einfach nur mit einem kopf schütteln wieder zurück genieß teil 38 dwego hatte nicht die leiseste ahnung wie man mehrere stunden lang berichte lesen konnte oder was in denen drin stand das so interessant war dass der aura sie solche ewigkeiten studierte warum gab es nicht einfach ein gebräu in welches ein pergament mit dem namen des opfers geschmissen wurde und wenn es wieder rauskam stand der schuldige darauf das war definitiv eine marktlücke für unter mordverdacht stehende aber unschuldige vilas wenn er nicht schon so stinkreich wäre dann würde er sich voll dahinter klemmen und den besagten trank erfinden so aber sah er weder einen grund darin noch auch nur den hauch einer motivation ohne sich zu bewegen seufste draco innerlich auf verlagerte sein gewicht auf dem unbequemen stuhl und starrte weiterhin den einzigen flecken auf der wand an welcher die wand wenigstens minimal spannend machte nach dem kaffee hatte eine auroren die erste weibliche die draco gesehen hatte ihm eine flasche wasser und ein glas gebracht auch hatte sie ihn nach seinen essenswünschen gefragt und draco hatte aus reiner böswilligkeit geantwortet dass er veganer war daraufhin hatte er einen mittelmäßigen Auflauf aus gemüse mit reis bekommen und einen frischen Obstsalat danach hatte sie und ein weiterer kollege ihn den gang runter zu einem waschraum geführt die auroren war vor der tür stehen geblieben und draco hatte sich zu seinem begleiter umgedreht wollen sie dabei bleiben hatte er ihn angefahren und der aura hatte nach kurzen zögern die schultern gezuckt und ihn alleine gelassen als erstes hatte draco seine blase erleichtert im stehen eine klobrille setzen ohne einen desinfizierenden zauber darüber gesprochen zu haben wer wusste schon welche werwölfe ihre haarigen ärsche über diese schüssel gehängt hatten draco hatte sich erst die hände und dann das gesicht gewaschen auch wenn er sich sicher war dass kein spiegel über dem waschbecken angebracht war dass er nicht alle blutreste weg bekommen würde schon gar nicht aus den haren und schon mal überhaupt nicht ohne ein oder zwei tonnen shampoo war es doch eine wohltat und danach hatte er sich ein wenig menschlicher gefühlt als die auroren sein tablett mit nahm nachdem sie draco zusammen mit ihren kollegen zurück begleitet hatte er sie nach der uhrzeit gefragt und sie hatte ihm mitgeteilt dass es inzwischen 15 uhr war wann Harry wohl bemerken würde dass seine heißgeliebte regierung ihn gewahrsam hatte morgen wenn er nicht zum frühstück kam oder erst einen tag später was würde sich Harry denken wenn er nicht auftauchte würde er sich seinen teil denken und es auf sich beruhen lassen aber inzwischen glaubte draco das nicht mehr Harry würde wenn er morgen nicht kommen würde eine minute nach sieben in Männer aufschlagen um zu sehen wo draco bliebe das war das gute an pünktlichkeit es fiel auf wenn draco nicht kommen würde ohne bescheid zu geben ein wehmütiges lächeln schlich sich auf seine lippen welches er sofort wieder durch einen neutralen ausdruck ersetzte wenn das aurorenpack ihn beobachtete und draco würde seinen reinblutigen arsch darauf verwenden dass sie es taten dann sollten sie nicht sehen dass draco sich gedanken machte und verdammt noch eins das machte er etwas anderes blieb ihm auch nicht übrig wenn er hier drin saß und ein fleck an der wand an starrte er schien eingedöst zu sein denn als die tür aufschwang schrak dweckot zusammen und hob ein wenig orientierungslos den kopf welcher ihm auf die brust gesunken war ohne fenster und ohne uhr konnte er einfach nicht einschätzen wie lange er schon hier drin war mr malfoy begrüßte ihn der namenlose auror und nachdem du er ihn zum zweiten mal sah ohne dass dieser mensch ihm seinen namen nannte beschloss er ihn schlicht mr x zu nennen schön kurz prägnant und einprägsam wie ich sehe haben sie sich gewaschen tut mir leid dass ich nicht in einer neuen robe aufwarten kann aber die war leider nicht in den wasch räumen und ich dachte mir dass ihre kollegen besseres zu tun haben als in das mail von männer zu flohen und mir meine kleidung zu holen sie machen so viel zum beispiel einfach nur dastehen und dumm durch die gegend starren hochnäsig nickte draco in die richtung der beiden stummen anhängsel welche sich hinter mr x aufgebaut hatten ich bin mir sicher dass es in azkaban wechsel sachen für sie gibt gab der aura gelassen zurück und ein leichtes lächeln schlich sich auf seine züge welches zweifelsohne von dem nervösen zucken von dwekos händen herrührte ich wollte ihnen nur mitteilen dass mr havelts leiche nun untersucht und zur bestattung freigegeben wurde sicher interessiert sie was wir gefunden haben dwek schwieg und blickte den Mann nur wartend an nichts sagte dieser dann schlicht es gab nichts zu finden er war kerngesund davon abgesehen dass ihm jemand mit einem schwarzmagischen fluch den kompletten rücken zerfetzt hat und er daraufhin innerhalb einer halben minute verblutet ist wie sie vielleicht wissen gibt es nur einen sehr aufwendigen zauberspruch welchen nur die wenigsten beherrschen der mr havel gerettet hätte kennen sie diesen flüchtig gab draco zurück niemand musste wissen dass harry ihm damals die brust mit dem selben zauber entstellt hatte es würde den verdacht gegen ihn nur noch mehr erhärten und vielleicht auch harry verdächtig machen denn der spruch war wirklich nicht weiter verbreitet kurz wartete der aura auf weitere auskünfte aber als draco weiterhin schwieg fuhr er fort und außer ihrer magie welche seinen körper durchdrungen hatte waren da keine weiteren spuren zu finden verzweifelt bis draco sich auf die zunge weil ich ein diagnose zauber auf ihn gelegt habe natürlich ist sein körper von meiner magie durchdrungen gewesen ach ja sagte mr x der diagnose zauber er schlug die akte auf und suchte darin herum er überflog einige seiten blätterte weiter und sagte dann dummerweise scheint dieser zauber auch alle anderen magie spuren ausgelöscht zu haben sachen gibt's gab draco zurück ich dachte immer dass es die aufgabe von jedem menschen ist egal ob muggel oder zauberer dass er erste hilfe leistet und das habe ich getan nur dass ich nicht mehr helfen konnte er lag schon in seinem eigenen blut und hat sich nicht mehr geregt als ich durch die tür kam mr x schwieg musterte draco und sagte dann in einem schrecklich väterlichen ton es würde ihrem strafmaß sehr sehr gut tun wenn sie uns ihren herrn nennen würden immerhin gelten sie vor dem gesetz nicht als volljährig wir wären ihnen sehr dankbar wenn ihr gesetzlicher Vertreter hier wäre zudem bedenken sie wie gut seine gegenwart ihn tun würde ohne sein zutun pressten sich dracos lippen fast schon schmerzhaft zusammen mein herr lässt mir alle freiheiten die es nur gibt er wird hier sicherlich nicht auftauchen um meine hand zu halten er behandelt mich wie einen erwachsenen also verlange ich dass sie das auch tun x fuhr sich durch sein graues haar und nickte dann wieder nun gut aber denken sie heute nacht darüber nach ob wir ihren herrn nicht vielleicht doch aufsuchen sollten sie müssen ihn nicht schützen wenn er ihn aufgetragen hat dass sie Mr. Havel umbringen sollen es gibt mittel und wege dass sie ihn in regelmäßigen Abständen besuchen können wenn er seine Haft verbüßt und sie von Entfernungsschmerzen verschont bleiben denken sie doch mal darüber nach was ich gesagt habe er kennt den toten nicht hat ihn nie gesehen warum sollte er wollen dass ich ihn umbringe vielleicht haben sie ihm berichtet wie er sich ihm gegenüber verhalten hat und er wollte ihn dafür zur Rechenschaft ziehen wenn er das wollen würde dann hätte er beim Tagespropheten anfangen sollen und da gibt es eine ganze die ich sehr viel lieber tot auf dem Boden gesehen hätte besonders die die sich erdumm dreisten Dinge über mich zu wissen die so falsch sind dass die Göttin der Wahrheit Veritas sich heulend in der Druckertinte des Propheten ertränken will einer der stummen Schatten die hinter Mr. X Aufstellung bezogen hatte kicherte auf und versuchte es durch ein Husten zu kaschieren Dweco sah hoch und bekam mit wie der Aura sich die Brust trieb als ob er seine Lungen beruhigen wollte scheinbar war der Name Malfoy nicht der einzige der von dem Käseblatt in den Dreck gezogen worden war aber wenn man informiert bleiben wollte dann konnte man nur das Blatt zur Rate ziehen musste allerdings für sich selbst entscheiden was der Wahrheit entsprach und was nicht Mr. X schien diese Unterbrechung nicht zu gefallen denn er stand auf nahm sich die Akte und wandte sich dann der Holztür zu ich wünsche ihnen eine erholsame Nacht Mr. Malfoy ach ja draußen steht ein Auror der sie gerne zu ihren Todesser Aktivitäten befragen möchte wieso ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen ich hatte mit niemandem Kontakt der nicht zu meinen Bewährungsauflagen gepasst hätte scheinbar doch sagte X ohne sich nochmal zu Draco umzudrehen Panik wahlte in Draco auf der einzige Ausrutscher der ihm passiert war als er den Brief seiner Mutter bekommen hatte und gelesen hatte aber diesen hatte Harry offiziell abgefangen und verbrannt ohne dass Draco auch nur ein Wort gelesen hatte war es eine Falle gewesen hatte seine Mutter ihm mehr Briefe geschrieben welche abgefangen worden waren er hatte die Sorge seiner eigenen Mutter um ihr eigenes Kind sie in Bedrängnis gebracht die drei Männer verschwanden durch die Tür und Draco konnte ihre Stimmen durch die Holztür hören welche sie nur angelehnt hatten nervös schob er seine Finger zusammen um sie vom Zittern abzuhalten seine Mutter hatte die gleichen Auflagen wie er keinen Kontakt mehr zu anderen Todessern und im Gegensatz zu seiner Mutter war er ein Todesser sie würde in Asgaban landen wenn jemand etwas von den Briefen wüsste die sie ihm geschrieben hatte seine rechte Hand schloss sich eng um das linke Armband und drückte so heftig zu dass seine Knöchel weiß hervortraten die Tür wurde aufgestoßen und er sah in die grünsten Augen die er jemals gesehen hatte seine Panik legte sich und machte einer Sorgeplatz welche seinen ganzen Körper flutete die Sorge um seine Mutter verschwand und machte einem trügerischen inneren Frieden Platz noch nie war er so verdammt froh gewesen Harry zu sehen dieser hatte furchtbar zerzauste Haare als ob er sich aufgebracht durchgefahren war und er hatte seinen braunen Umhang nicht an welchen Draco so grausig fand dafür trug er heute ein grünes Oberteil eine beige mit einem schmerzlindernden Trank angebracht war und das Armband mit dem die Auroren ein Notsignal absetzen konnten fehlten ebenso wie der warme Mantel kurz nahm Draco das Bild eines arbeitenden Harrys in sich auf und musste gestehen dass es heiß wirkte die Akte unter seinem Arm rundete das Bild ab und wenn die Situation nicht so beschissen wäre dann hätte er Harry verführt Harrys machtvolle Aura welche ihn umgab zog ihn magisch an ganz Malfoy eben schon immer wurden sie von Geld und Macht angezogen eine einflussreichere Partie hätte sein Vater niemals für ihn finden können Potter stellte er fest und nickte ihm ruhig zu er wusste nicht wie vertraut sie miteinander umgehen konnten wie viel die Wende von ihrem Gespräch hören würden Teil 39 Harrys Blick huschte über Dracos Erscheinung und verweilten einige Zeit an den beiden Wieler Bändern welche ihm der Heiler angelegt hatte er riss sich davon los und schloss die Tür hinter sich automatisch legte sich ein stille Zauber über den Raum und das Gespräch vor der Tür erstarb nur an Harrys verkrampften Händen um die Akte erkannte Draco dass er sich gerade ziemlich zusammenreißen musste er war eben immer noch genauso impulsiv wie an dem Tag an welchem Draco den Idioten Long Botten sein Erinnern mich geklaut hatte und Harry so aus Versehen einen Platz in der Quidditch Mannschaft besorgt hatte lustigerweise war es immer das was Draco von Harry wollte seine Aufmerksamkeit und als er dies auf einer freundschaftlichen Ebene nicht erreichen konnte größeren Gemeinheiten zu erreichen versucht langsam zog Harry sich auf den Stuhl auf der anderen Seite des Tisches zurück und ließ sich darauf sinken dann hob er seinen Zauberstab er blickte Draco direkt an und sprach einen Muffiliator auf den Raum richtete danach die Spitze auf Draco sprach denselben reinigenden Zauberspruch welchen sie immer nach dem Sex benutzten auf Dracos Haut und Kleidung Ich wüsste nicht dass wir gefögelt hätten stellte Draco ruhig fest und strich sich durch sein nun nicht mehr verkrustetes Haar Ich denke wenn du einen Spiegel gehabt hättest wärst du hinten übergefallen deine Haare waren blutverklebt bist du verletzt oder verletzt worden fragte Harry ruhig und Draco nahm deutlich wahr wie viel Mühe es ihn kostete sich selber und seine Stimme besonnen zu halten Herz aller liebst dass du dich so sehr um ein äußeres sorgst aber du kennst doch sicher die Muggelschlammpackungen denselben Effekt hat das Bad im Blut von einem Vollidioten langsam nickte Harry und schlug dann seine Akte auf sie können uns nicht hören aber sehr wohl noch sehen teilte er Draco mit und blätterte eine Seite weiter schade ich dachte ein Abschiedsfick wäre noch drin bevor sie mich nach Asgaban stecken um sich nicht mehr so verletzlich zu fühlen verschränkte Draco seine Hände vor der Brust aber es linderte das miese Gefühl in seiner Brust nur minimal er hatte Angst er hatte panische Angst denn Harry sah nicht danach aus als ob er Draco alleine mit seinem Heldenstatus hier raus bekam und wenn sie ihn nach Asgaban schicken würden dann wusste er nicht wie lange er es dort aussieht ohne Schaden zu nehmen seine Tante hatte es nun noch verrückter gemacht die anderen Todesser welche nach dem ersten Sturz von Voldemort eingesperrt worden waren hatten damit geprahlt dass die Erinnerung welche die Dementoren immer wieder zeigten sie mehr erfreut als verschreckt hätten ihren Ängsten wären sie gegenüber getreten und wären daran gewachsen während sie darauf warteten dass ihr Meister sich wieder erhob Draco hielt das für ausgemachten Schwachsinn auch diese harten Typen hätten sicher gelähmt vor Angst in ihren Zellen gesessen und immer wieder geheult wie Kleinkinder Draco machte drei Kreuze dass diese Viecher nicht mehr in Gefängnis ihr Unwesen trieben Draco fing Harry zögernd an ich weiß nicht was ich sagen sollte aber warst du es und wenn ich es gewesen wäre kurz zögerte Harry schüttete jedoch kurz darauf den Kopf du warst es nicht nun war es an Draco die Arme ein wenig zu lockern und sich nach vorne zu lehnen woher willst du das wissen ein kurzes scheues Lächeln stich sich auf Harrys Lippen wieso solltest du ihn erst nach drei Jahren umbringen und dann noch auf so eine blutige Art und Weise das ist nicht dein Stil Draco ach und was ist dann mein Stil kurz lachte Harry herzlich auf und ein spitzbübisches grinsen legte sich auf seine Züge Malfoy also ehrlich wenn du es gewesen wärst dann wärst du der letzte gewesen den sie im Verdacht gehabt hätten du bist viel zu klug um dich zu so einem impulsiven Mord hinreißen zu lassen du denkst also nicht dass ich es gewesen bin fragte Draco leise nach er dachte eigentlich dass Harry ihm auch nicht glauben würde und auch wenn er es nicht wollte so durchflutete er ihn Zuneigung für den jungen Auroren bestimmt schüttelte Harry den Kopf und schob seine Brille dann wieder auf seine Nase nein das glaube ich nicht sie blickten sich einige augenblicke lang an und Harry leckte sich nervös über die Lippen ehe er den Blickkontakt erbrach und wieder in der Akte blätterte dein Chef hat mir Bescheid gegeben und mir dann eine Tasse Tee aufgedrängt putziger Kerl Mr. Underwood hat dich angeeult naja er hat mich angeschrieben und mir gesagt dass sich ein Todesser in seinem Keller versteckt ich hielt es für einen schlechten Witz und wollte niemand anderen damit die Zeit rauben deswegen bin ich alleine hin es gab immer mal wieder solche Dummköpfe die denken dass es lustig ist mir die Zeit zu rauben aber wenn ich dann wirklich da auftauche war es das letzte Mal dass ich von ihn höre er hat mir erklärt was passiert ist und mich dann gleich zum Tee da behalten ich wollte eigentlich schon zurück apparieren aber er hat mich dazu genötigt ihm von der Ausstattung des Gryphoner Turms zu erzählen und welche Sockenfarbe ich am liebsten habe Harry schüttelte den Kopf über so viel liebenswerte Tattrickkeit wie viel hast du ihm erzählt also über dich und mich nun war es Draco der kichern musste wenn sie nicht in diesem ungemütigen Raum sitzen würden dann könnte er glatt vergessen dass Asgaban wie ein Damokles Schwert über ihm schwebte ich habe ihm kein Wort gesagt aber mit seiner vorgetäuschten Schusseligkeit würde er einen prächtigen Spion abgeben andächtig nickte Harry schloss die Akte und faltete die Finger zusammen ich soll dir liebe Grüße von ihm ausrichten Dankend nickte Draco zurück und imitierte den Harrys Pose sie saßen sich gegenüber und musterten sich aufmerksam ich werde ihnen sagen wie ich zu dir stehe Draco fuhr auf und ballte die Fäuste einen Scheiß machst du wenn sie den wahren Täter finden bin ich aus dem Schneider und dann werden sie unseren Namen durch die Pressemühlen jagen bis weder an dir noch an mir ein gutes Haar bleibt und dann kann ich dir sagen dass die angenehme Zeit mit uns beiden vorbei ist wir hätten keine ruhige Minute mehr sei dir sicher dass die wenigsten es begrüßen würden dass du mit einem Todesser ins Bett gehst und meiner Wieler merkte Harry an und deutete auf den Stuhl setz dich wieder langsam ließ Dweco sich zurück auf den unbequemen Metallstuhl sinken ich sagte es dir schon mal dass es mir nichts ausmacht wenn sie es wissen ich bin es inzwischen gewohnt dass sie sich das Maul über mich zerreißen aber ich nicht und ich will es nicht und was soll dir das bringen soll ich dir was sagen sie verdächtigen meinen Herrn dass er mich zu einem Mord angestachelt hat Harry entglitten seine Züge bitte jetzt schau nicht so für die bin ich doch nur ein dummes rindvieh das nicht selber denken kann und nur handelt also muss ich zwangsläufig einen Befehl ausgeführt haben also wirst du ziemlichen Ärger kriegen und wenn sie dann durch Veritaserum herausgefunden haben dass du unschuldig bist sitze ich noch tiefer in der Scheiße jetzt wenn es hart auf hart kommt dass ich auf deinen Befehl hingehandelt habe und dass ich dich nicht nennen darf hab ein wenig geduld draco sie finden den wahren täter freudlos lachte draco über diese blauäugigkeit auf sie haben pickel fresses leiche schon wieder freigegeben dass seine familie seinen ausgebluteten leichnam unter einem berg aus erde verscharren kann vielleicht sind sie auch so neumodisch rumpel warten doch nur darauf dass ich zugebe dass ich es war sie suchen gar nicht mehr harry draco hatte harry nur dreimal so gesehen wie er jetzt aussah das eine mal als draco auf dem nassen boden in dem mädchenklo gelegen hatte und das wasser sich mit seinem blut vermengt hatte das zweite mal als er verstanden hatte dass er beinahe an dracos totschuld gewesen war und als die scheinschwangerschaft von der kröte aufgeflogen war du willst sagen du bist dringend tatverdächtig und sie haben belastende aussagen sie haben eine erinnerung eines auroren wie ich neben den agne paradies knie mit gezogenem zauber starb weil ich so dämlich war und schauen wollte ob ich ihm noch helfen kann du hast einen scheiß einfluss auf mich ich habe nicht die da aus dem idioten tropft nie wieder von meinen schuhen bekommen werde so griffen der haft kenne ich mich gar nicht veritaserum deine erinnerung ein fürsprecher zählte harry dracos möglichkeiten auf meine ach so praktische villa magie neutralisiert den trank innerhalb von sekunden wenn ich ihn getrunken habe fremde magie mag die villa wohl nicht wirklich gerne meine erinnerung kann ich verändern und unter uns darin bin ich verdammt gut ich hatte den besten lehrer sie wussten beide wen du meinte und wer sollte schon ein gutes wort für mich einlegen meine mutter du ich habe keine großen und einflussreichen freunde tut mir leid dich enttäuschen zu müssen underwood oder wie heißt der andere nochmal woman du verdrehte die augen underwood ist liebenswert aber wenn er meinen namen mal richtig ausspricht dann würde ich nackt auf der london bridge steppen und jemand der meinen namen nicht kennt ist sicher der beste für sprecher und roman der haffel puff verschnitt er hasst mich er ist ein inkompetenter idiot und das ist noch eine nette umschreibung sieht ziemlich aussichtslos aus kleine wieler sagte harry und versuchte sich an einem aufmunternden lächeln was ihm aber nicht wirklich gelang sieht so aus ich hoffe mal dass du ihn nicht umgebracht hast um mich los zu werden dafür habe ich zu viel mühe und zeit in dich investiert um dich von einem slytherin zu einem standhaften gryffindor zu machen nachdenklich nickte draco und spürte selber wie sehr seine schultern schmerzten weil er sie so anspannte als harry seine hand berührte löste er seinen starren blick von der ecke durch welche er hindurch starte ohne sie wirklich zu sehen du hast noch mich und ich denke dass ich ziemlich gut daran bin sachen raus zu bekommen und immerhin habe ich voldemort zweimal abgemurkst da finde ich einen mörder doch mit links kann es sein dass du drei jahre gebraucht hast bis du voldemort ein zweites mal gestürzt hast ich war faul und in der pubertät und ich musste in dieser zeit doch erfahrungen mit frauen sammeln sonst wäre das sich noch sehr viel schneller gegangen was harry da machte war dweck klar er versuchte ihn zu beruhigen indem er einfach mit ihm plauderte und ihm ein wenig mut zusprach du hast deine zeit also damit vergoldet mit frauen zu knutschen und ihnen schnulzige gedichte zu schreiben nur um am ende mit einem man im bett zu landen was hätte ich doch für zeit gespart wenn sie ihre beiden enger zusammengeschoben und nun berührten sich ihre waden unter dem tisch und drückten sich eng gegeneinander so unmerklich wie sie die nähe gesucht hatten so merklich spürte draco doch wie gut es ihm tat noch mal von harry zu hören dass er sehr wohl vorhatte für ihn zu kämpfen und ihn nicht einfach seinem ungewissen Schicksal in Asgaban zu überlassen ich werde mich morgen noch mal mit dem chef treffen allerdings erst nach der arbeit wenn ich mir jetzt urlaub nehme dann muss ich meine marke abgeben und darf weder in die archive noch zu den gefangenen fuhr harry fort das heißt du kommst morgen wieder fragte draco nach und verfluchte sich selbst wie hoffnungsvoll seine stimme klang aber natürlich ich lasse dich doch nicht hier alleine du scheinst zu vergessen dass du für einen typen gar nicht so übel aussiehst auch wenn es ein witz war so konnte draco nicht darüber lachen auch harry senkte den kopf wieder und schwieg einige augenblicke betroffen hör mal doch dann wurde er unterbrochen als die tür aufging und die auroren in kopf rein steckte harry da ist jemand der sprechen möchte dringend es gehe um die befragung von einem verdächtigen die du durchgeführt hast sofort hatte harry abstand von draco genommen und so die intimität zwischen ihnen gebrochen kaum hatte sich harry bewegt zog auch draco sich zurück und verschränkte wieder die arme vor der brust ja sarah ich bin gleich da sie nickte ihm zu und schloss die tür wieder während harry sich nun viel geschäftsmäßiger zu draco wandte also gut ich komme morgen wieder wenn dich jemand fragen sollte warum oder für was ich die befrage dann sag ihm dass ich von dir details zu verschiedenen todessern haben möchte die orte von denen sie mal berichtet hätten namen die sie erwähnt haben auffällige anatomische besonderheiten sowas eben aber ich glaube nicht dass es jemanden interessiert draco nickte und sah harry zu wie er die blätter in die akte zusammenschob und dann draco ein letztes mal aufmunternd zulächelte ich werde dich morgen früh vermissen alleine frühstücken hat irgendwie seinen reiz verloren und heute nacht nicht bohrte draco nach und hob eine augenbraue heute nacht besonders du bist wunderbar warm und in dem alten haus ist es so zügig harry zögerte dann fügte er hinzu wir bekommen das hin draco da du es nicht warst werden wir einen weg finden dich daraus zu boxen noch mal lächelte er ihm zu und ging dann draco blieb mit einem klumpen im hals sitzen er musste sich selber am riemen reißen dass er nicht anfing hemmungslos zu heulen seit er hier drin saß waren ihm schon fast zweimal die Tränen gekommen ein weichei war ein haufen troll mist gegen ihn bis jetzt ging es ihm den umständen entsprechend gut und wenn Harry sich seiner sache annehmen würde dann hatte er nichts zu befürchten die auroren Sarah holte ihn nach wenigen minuten aus dem raum und führte ihn dann dieses mal alleine den gang hinunter und dann einige stockwerke weiter in die tiefe schließlich stoppte sie vor einer unscheinbaren tür und öffnete sie mit dem schwung ihres stabes mit ein wenig druck an dracos arm schob sie ihn in das innere des raumes da Draco sich kurz sträubte über die schwelle zu treten es hatte so etwas endgültiges bett waschbecken lichtschalter toilette notschalter aber wenn der aus jux gedrückt wird können die nachtwächter recht stinkig werden da verstehen sie nicht viel spaß schließlich wollen sie nicht geweckt werden wenn sie auf kosten des staates ein nickerchen halten gab Dweco ungerührt zurück während er dem ausgestreckten finger der frau gegenstände gedeutet hatte die sie aufgezählt hatte sie antwortete darauf indem sie die tür extra hart zuwarf und Dweco alleine in dem grellen neonlicht stehen ließ Dwecos blick ging über die karge einrichtung das bett war nur ein metallgestell mit einer matratze darauf zusammen mit einer dünnen decke und einem kopfkissen bildeten sie sein nachtlager aber wenigstens war alles so sauber als ob es gerade gewaschen worden wäre auch der restliche raum glänzte durch sauberkeit und kargheit penibel wusch Dweco sich mit dem angenehmen warmen wasser nochmal das gesicht und die hände ehe er seinen anzug auszog welcher durch harrys sauber wieder sauber und frisch war abgesehen von den falten aber darüber konnte er unter den gegebenen umständen absehen er legte alles sauber über das waschbecken und schlüpfte dann nur in boxershorts und dem schwarzen t-shirt unter die decke das deckenlicht ließ er brennen und starrte es so lange an bis seine augen trähnten natürlich nur wegen dem ungewöhnlich elektrischen licht und nicht weil er sich unter der erde in einer zelle befand nur noch eine handbreite von askaban entfernt verhalten zog er die nase hoch drehte beide arme um ihn schloss teil 40 du dweckow erwachte am nächsten morgen mit schmerzenden gliedern und einem schalen geschmack im mund eigentlich hielt er sich mit seinen 21 jahren noch für ziemlich jung und agil aber jetzt merkte er dass er eben keine sechs mehr war ein alter in welchen das wort muskelkater nur in verbindung mit alten menschen gesehen werden konnte ob es wirklich schon der nächste morgen war konnte dweckow nichts sagen er hatte keine uhr da er sich nicht wie sonst immer eines zauberspruches bedienen konnte um die uhrzeit zu erfragen von einem fenster von welchem er anhand der helligkeit das hereinscheinend nichts auf die tageszeit schließen konnte ganz zu schweigen zudem hielt er eine taschenuhr für altmodisch und bevor er eine armband uhr nach muggelart getragen hätte hätte ihm sein vater beide arme abgehackt mit einer stumpfen axt versteht sich und natürlich beide arme nicht dass dweckow auf die idee gekommen wäre die uhr an seinem anderen arm zu tragen vorsicht war schließlich besser als nachsicht und der ruf seines vaters als muggelhasser wäre natürlich zerstört gewesen wenn sein sohn eine muggelerfindung am arm herum getragen hätte aber ihm war klar dass er unter keinen umständen nur in boxershorts und t-shirt von den aroren abgeholt werden wollte deswegen wusch er sich so gut es ging zog sich an und setzte sich auf die bettkante um auf das unvermeidliche zu warten das in form von frühstück kam misstrauisch beäugte dweckow das tablett welches aus dem nichts erschien und neben seiner pritsche musste so wach wie nur möglich sein wenn er später wieder den idioten vorgeführt wurde das belegte brötchen hielt dracos betrachtung allerdings nicht stand deshalb rührte er es auch nicht an er wollte sich nicht an dem minderwertigen fraß den magen verderben wollen sie ihre aussage noch etwas hinzufügen fragte ihn mr x nachdem er draco eine gute stunde lang in einem verhörraum warten lassen und ihn nach seiner nacht gefragt hatte alleine dafür hätte draco ihm zu gerne den mittelfinger gezeigt konnte sich aber beherrschen und beschränkte sich lediglich darauf dass er sich über den mangelnden zimmerservice beschwerte nein sagte draco schlicht ich kann nichts weiter dazu sagen weil ich es einfach nicht war wieder nickte mr x und draco hatte das unverweigerliche verlangen dem kerl ins gesicht zu schlagen so dass er endlich damit aufhören würde so zu tun als wenn er draco verstehen oder ihm gar zustimmen würde ich hatte eine unterhaltung mit meinem direkten vorgesetzten und der mit dem minister zu dritt haben wir uns auf das weitere vorgehen geeinigt kurz schwieg er und starrte draco begierig an doch der zeigte keine regung selbst der minister war nun in der letzten nacht hatte draco sich hoffnung gemacht dass er wenn er die richtigen leute an den richtigen stellen schmieren würde vielleicht auf freien fuß kam selbst wenn es nur vorübergehend war dann würde er sich irgendwo ins ausland absetzen wenn es sein musste ob er harry dazu überreden könnte ihn zu begleiten stand auf einem ganz anderen blatt aber askaban würde er als totesser und mit einem verrat an voldemort und seiner Namen lag nur schwer ertragen und dann auch noch längere zeit wahrscheinlich über jahre hinweg von harry getrennt zu sein das würde er nicht überleben er hatte ja schon die beiden wochen welche er alleine verbracht hatte nur unter dem Einfluss der stärksten gerade noch legalen Tränke überstanden irgendwo in seinem Kopf war auch noch die Hoffnung geschwebt dass Harry ihn durch seinen Einfluss rausholen um es trotzdem nach einer Strafe aussehen zu lassen hätten sie Dweck und der Hausarrest gestellt und ihm das zaubern verbieten können oder den Stab zerbrechen lassen oder sonst was in die Richtung so ungefähr alles wäre besser als Askar Bahn doch auch diese Hoffnung wurde je zerschlagen als der Minister ins Spiel kam wir werden für den Aufenthaltsort ihres Herren eine Belohnung aussetzen immerhin ist ihr ein weiterer Zeuge der letzte Zeuge welcher benötigt wird bevor wir entscheiden können ob sie alleine für ihr verbrechen oder mit ihm zusammen verurteilt werden wie viel fragte Dweck nach 1500 Gallionen wenn der Tipp uns direkt zu ihrem Herrn führt Dweckos Hände wurden schwitzig das war eine ganze Menge Geld im Kopf ging er durch wer alles von Harry wusste die komplette Wiesel Familie nebst der Gryffindor Freundin Schlammblut und Fleur aber sie alle liebten Harry viel zu sehr als dass sie ihn verpetzen würden immerhin wurde ihm eine Mittäterschaft angedichtet plus einem Gratis Aufenthalt in Azkaban Mr. Underwood bei welchem es sich Draco eigentlich nicht vorstellen konnte aber um sicher zu gehen würde er Harry wenn er vorbeikam beauftragen dem Mann 2000 Gallionen zu geben sicher war immer noch sicher wieder wartete Mr. X auf eine Erregung von Draco aber dieser hielt still und schloss seine Hände unter dem Tisch um sich selber davon abzuhalten sie nervös an seinen Hosenbein abzuwischen Mr. X zog einen weiteren Trumpf aus seinem Ärmel und winkte seinen Lakaien heran welcher ihm den Tagespropheten reichte X musterte die Titelseite lächelte nachsichtig und schob sie dann Draco zu sodass ihm die großen Buchstaben gleich ins Auge sprangen wie la Draco Malfoy ermordet Arbeitskollegen knapp darunter prangte die Belohnung welche auf Harrys Kopf ausgesetzt war in großen Lettern zwischen dem Kopfgeld und dem kurzen Text war ein Bild von Pickelfresse wohl aus einer privaten Fotografie Sammlung denn es lag ein Arm um seine Schulter welche am Bildrand aufhörte das argne Paradies lächelte in die Kamera hob sein Butterbier hoch und prostete dem Fotografen zu gleich daneben war ein Bild von Draco bei seiner letzten Verhandlung in welcher seine Taten unter Voldemort erörtert worden waren dasselbe Bild das sie schon gemacht hatten als sie seinen Namen von einem korrupten Beamten aus dem Ministerium gekauft hatten auf dem Bild öffnete sich eine Treten der Anzug saß perfekt aber durch die schwarz weiß Aufnahme wirkte seine Gesichtsfarbe noch fahler und seine Augen viel dunkler er hatte erschreckende Ähnlichkeiten mit einem Vampir es war nichts von der strahlenden Schönheit einer Vila zu erkennen welche diesem magischen Halbwesen angedichtet wurde sein Foto ich blickte kurz in die Kamera schob sich dann durch die Meute an Reporter und verschwand Zeitung stand trotz der Pickel in Pickels fresses Gesicht sah er doch wie ein unschuldiger Jugendlicher aus und Draco wie ein Schwerverbrecher es müssen einige Zauberer aus ihrem Umfeld wissen wer ihr her ist nicht jeder wird schweigen also ersparen sie uns die Suche und fuhr X mit ruhiger Stimme fort er versuchte es wieder auf die väterliche Tour und Draco welche auf die Rüde gut dann nochmals im Klartext für sie so dass sie es auch verstehen Draco Malfoy will nichts dazu sagen Draco Malfoy kann nichts dazu sagen Draco Malfoy ist nämlich eine Vila wenn Draco Malfoy ist her Draco Malfoy einen Befehl gibt dann muss Draco Malfoy gehorchen verstehen sie es jetzt ich bin eine Vila ich habe Schmerzen wenn ich gegen den Befehl Große und deswegen wiederhole ich es jetzt noch einmal extra langsam für sie ich kann den Namen nicht nennen der Aura vorzog kurz den Mund und Draco atmete tief durch um sich selber zu beruhigen hören sie fuhr er in einem versöhnlichen Ton fort nein Mr. Malfoy jetzt hören sie mir zu der Aura stand auf kam um den Tisch herum stützte sich mit der Hand auf der anderen auf Dracos Stuhllinie ab und beugte sich nahe zu ihm herunter so dass ihre Gesichter auf einer Höhe waren sie haben überhaupt keine Ahnung in was für Problem sie stecken wenn es den Kuss eines Dementoren als Vollzugsstrafe noch geben würde dann wären sie der Erste auf der Liste der ihnen vorgeworfen werden würde wir haben die belastenden Aussagen von zwei Personen sie wurden noch mit gezogenem Zauberstab von einem Aroren aufgegriffen sie sind unkooperativ und vorlaut nur weil sie einmal Glück hatten dass Mr. Potter Mr. Weasley und Miss Granger für sie ausgesagt haben werden sie dieses Mal niemanden finden der für sie als Fürsprecher auftritt zudem hatten sie das unglaubliche Glück minderjährig zu sein als sie das Tod es einmal annahm aber das hilft ihnen nun auch nichts mehr belastende Beweise und Erinnerungen keine Fürsprecher keine schützende Minderjährigkeit präzisierte er er richtete sich auf und Draco konnte endlich wieder tief durchatmen da der Mann so roch als sei etwas pelziges oder etwas mit Schuppen in seinem Mund gekrochen und dann dort verendet wir werden sie in den Wochen in welchen wir ihren Herrn suchen nach Asgabern uns keine neuen Informationen liefern werden wieder beugte er sich vor und Dracos Angst wurde durch diesen miesen Atem gedämpft welcher ihm der Mann stetig ins Gesicht blies richten sie es sich ruhig häuslich dort ein suchen sie sich eine nette Zelle kein Zauberer des Gamots wird auch nur eine Sekunde lang daran denken dass man sie wieder in die Freiheit entlassen sollte ich wünsche ihn spannende Wochen Mr. Malfoy er richtete sich auf und Draco sah ihn ungerührt von unten an ihm war speiübel sein Magen rebellierte und er wusste nicht ob er sich gleich übergeben sollte auf die Schuhe von Mr. X oder ob er seinen Brechreiz aushalten konnte bis er allein auf der Toilette war sollte er Harrys Namen preis geben aber was würde das ändern außer dass er noch schneller verurteilt werden würde so verschaffte er Harry wenigstens ein bisschen Zeit ehe sie seinen Stab zerbrachen und ihn in die Muggelwelt schickten oder sonst etwas barbarisches mit ihm taten die beiden Schatten von Mr. X lösten sich aus ihrer Starre und traten zu Draco stehen sie auf leierte der eine und Draco erhob sich zögernd er war sich nicht sicher ob seine Knie ihn tragen würden seine Knochen fühlten sich an als seien sie aus Grütze gemacht Askar waren bei der letzte Ort an welchen Draco wollte während die Männer ihm Handschellen umlegten die durch eine kurze Kette miteinander verbunden waren dachte er an seinen Vater er hatte die gleichen Handschellen angelegt bekommen als über ihn das Uta gefällt worden war wegen mehrfachen Mordes Folterung und sonstigem Kram welchen Draco vergessen hatte hatte er 20 Jahre bekommen noch während sie seinen Vater hinausgeführt hatten hatten sie den nächsten armen Kerl hereingebracht um ihn hinter die Mauern von Azkaban zu schaffen hinter welchen die Gesellschaft ihn vergessen würde und wieder ihren unwichtigen Lebensaufgaben nachgehen würde ohne eine Sekunde an die Verurteilten denken zu müssen sie traten zu dritt aus dem Verhörraum der eine Aura hatte seine Hand eng um Dracos Oberarm gelegt und dirigierte ihn den Gang hinunter vielleicht sollte er versuchen zu fliehen aber er wusste selber wie lächerlich das aussehen würde er konnte nicht operieren und zaubern gleich zweimal nicht wenn er sich jetzt los riss dann würde er vielleicht bis zum Ende des Ganges kommen aber nur weil die Auroren sich bepisten vor lachen und ihrem Stab deswegen nicht gerade halten konnten Teil 41 Eine Tür öffnete sich und Harry trat vor ihnen auf den Gang sein Blick erhellte sich als er Draco erkannte aber dann huschten seine Augen weiter zu den schweren Eisen Fesseln und sofort verzog er das Gesicht er trat nicht beiseite als sie zu ihm aufschlossen sondern vertrat ihnen den Weg Harry nickte dem einen Auroren zu und wandte sich dann zu dem anderen wo bringt ihr ihn hin ich habe noch einige Fragen Azkaban es wurde eine Belohnung auf seinen Herrn ausgesetzt bis der sich meldet oder jemand petzt bleibt er da ist mir aufgefallen gab Harry gefasst zurück doch Draco sah wie sie seine Hände kurz ruckartig verkrampft hatten selbst Harry hatte Bammel vor Azkaban und Draco verließ langsam ich hoffe doch sehr dass du mich besuchen kommst Potter vergiss nicht den Wein und einen Blumenstrauß als Gastgeschenk ergriff nun Draco das Wort und hoffte dass er so gefasst wirkte wie Harry und sich so höhnisch anhörte wie sich das für einen Malfoy gehörte soll ich mit dir Händchen halten Malfoy gab Harry nur zurück und die beiden Auroren kicherten leise unter der Bedingung dass du mir deinen Zauberstab gibst dass ich dir deine Griffel desinfizieren kann wer weiß was du damit schon alles angefasst hast wenn das alles ist was du forderst dann werden wir uns noch sehr oft sehen Harry tippte mit den Fingern gegen die Akte in seinem Arm ich hab da einiges was ich dich noch fragen möchte ich denke dass ich heute Nachmittag auf Kaffee und Kuchen vorbeikommen werde halb erschrocken drehte Draco den Kopf zu seinem Bewacher Merlin wir müssen noch mal zu mir nach Hause ich muss meine Schürze und meine geheim Kuchen Rezepte abholen nun lachten die beiden Auroren wirklich laut auf und Harry streckte die Hand nach Draco aus er überwand die kurze Distanz zwischen ihnen und strich ihm kurz mit den Fingerspitzen über den Handrücken ehe er einen Schritt zurück trat und so den Weg freimachte auch wenn Draco es verhindern wollte so stich sich ein kleines Lächeln auf seine Züge Harry würde kommen heute noch er wäre nicht alleine merklich straffte er die Schultern welche ihm bei der Eröffnung von Mr. X zusammengesunken waren entschlossen reikte er das Kine ein Stück nach vorne er würde sich an nicht zusammengesunken und verängstigt in dem Gefängnis ankommen sie hatten den falschen und das würden sie schon noch früh genug erkennen und zudem war Harry da die Panik hatte sich spürbar gelegt als Harry ihn nur an der Hand berührt hatte es würde alles wieder gut werden es würde gar nichts wieder gut werden Draco zog den Kopf wegen des eisigen Windes und der Gischt ein welche um ihn herum in der Luft tanzten sie waren an einem kleinen Apparierpunkt aufgeschlagen er befand sich an der hintersten Ecke der Insel sodass die wachhabenden Zauberer die Neulinge sofort sehen konnten nur Auroren und ihre Begleiter oder jemand mit Sondererlaubnis konnte die Insel betreten oder wieder von ihr verschwinden die beiden Auroren schritten schneller und weiter voran und Draco war ihnen dankbar schon jetzt froh er erbärmlich als er den Blick hob sah er die hohen schwarzen Türme des Gefängnisses es roch nach Meer Fisch und Algen und Draco musste sofort trocken würgen während sie mehrere magische Schranken durchquerten von welchen Draco nur ein leichtes Prickeln auf der Haut spürte auch wenn die Dementoren die Gemäuer schon seit drei Jahren verlassen hatten so nistete die Angst noch in den Ritzen Draco konnte es spüren seine Nackenhaare stellten sich auf und er bemerkte selber wie er langsamer wurde doch die Aroren zerrten ihn unwillig weiter sie betraten das Gefängnis durch eine große verwitterte Holztür einer seiner Begleiter schimpfte über das Wetter und ging dann weiter während Draco tropfend in der Eingangshalle stand und sich seine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnten doch was er sah wollte er eigentlich gar nicht so genau in Augenschein nehmen die Wände waren aus schwarzem grob behauendem Stein die kleinen Fenster welche so hoch angebracht waren dass man nur ein Stück von dem Wolken verhangen im Himmel sehen konnte waren vergittert und von der Decke tropfte Kondenswasser oder Meerwasser oder was auch immer vielleicht hatten sie im Stockwerk darüber ja ein Wasserschaden Draco hoffte auf letzteres was für ein würdevoller und gemütlicher Arbeitsplatz und genauso nett entspannt und immer für einen guten Scherz zu gebrauchen sah der Werte aus welche auf Draco zukam ich übernehme sagt er mit fester und ziemlich tiefer Stimme Dracos Aufpasser waren schnell weg als dass er ihnen noch einmal einen schönen Tag hätte wünschen können der Mann ausgiebig von oben bis unten dann sah er auf das Klemmbrett welches er bei sich trug Mord die Frage schien rhetorisch zu sein denn er sprach gleich weiter Malfoy der Draco Malfoy ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben was der Mann meinen könnte antwortete Draco einfach nein bist du mit Lucius Malfoy verwandt eigentlich bezweifelte Draco ernsthaft dass es ihm etwas nützen würde wenn er gleich zu Anfang mit seinem Todesser Vater in einen Topf geworfen wurde aber der Name seines Vaters stand sicher irgendwo auf dem Klemmbrett das der Kerl bei sich trug er ein widerliches Grinsen zog sich über das Gesicht des Wärters dein Vater war ein ganz feiner Kerl so edel und so reinblütig war sich für alles zu gut hat stundenlang regungslos in seiner Zelle gehockt so edel und so reinblütig und dann ist er schön verreckt ganz alleine mal sehen ob dir das auch so passiert kleiner Malfoy eine Gänsehaut zog sich über Dracos Rücken der Wärter wandte Draco den Rücken zu und ging dann einfach los kurz blickte Draco ihn verdutzt nach dann spürte er einen Ruck an seinen Fesseln und er musste sich beeilen mit dem Mann Schritt zu halten morgens und abends gibt's Happa Happa an der Zelle mittags gibt's Happa mit den anderen Gefangenen mach Ärger Rücken biegen musst um darin zu stehen und so eng dass du die Arme anwinkeln musst wenn du nicht spurst Zelle wenn du frech bist Zelle wenn du einen Aussoja angreifst Zelle wenn du dich prügelst Zelle wenn du angefangen hast mit der Prügelei Zelle wenn du nicht angefangen hast Zelle steh neben einer Schlägerei Zelle wenn wir dich mit Drogen erwischen Zelle wenn wir dich bei einem Ausbruchsversuch erwischen Zelle wenn du dich weigerst deine dir zugeteilten Aufgaben zu erledigen lassen sie mich raten ähm Zelle rätselte Draco sarkastisch nein Nahrungsrationierung eigentlich war Draco sich nicht sicher ob das eine Belohnung war wenn man den Fraß nicht essen musste den sie einem vorsetzten sie erreichten eine Tür der Werther öffnete sie und zusammen betraten sie den Raum das Licht der Deckenbeleuchtung brannte in Dracos Augen und er musste kurz aufgrund der plötzlichen Helligkeit mehrmals blinzeln ausziehen bitte was ausziehen oder ich werde nachhelfen und das willst du ganz bestimmt nicht also los ausziehen knurrte er und fummelte an seinem Zauberstab herum welcher an seinem Oberschenkel befestigt war so dass er diesen jederzeit ziehen konnte der Mann schien Dracos Blick bemerkt zu haben denn er sagte während er liebevoll über den Stab fuhr mach dir keine Hoffnung er reagiert nur auf meine Hand willst du ihn mal in die Hand nehmen und es überprüfen rasch schüttelte Draco den Kopf sodass seine Hand fesse leise klirrten schade ich habe vergessen zu sagen dass wenn du mit einem Zauberstab erwischt wirst Zelle er grinste wieder und Draco war erstaunt dass seine Zähne nicht klischeehaft gelblich verfärbt waren sondern ein ganz normales Gebiss enthüllten ausziehen wiederholte er nun erneut und deutete dann auf einen Stapel grau schwarz gestreifter Kleidung die sind auch von deinem Daddy dachte mir dass es dich sicher freut die Sachen zu tragen die auch dein Vater so heiß und innig geliebt hat leise rumorte Dracos Magen er fühlte sich ausgeliefert und er hob die Hände welche durch das schwere Eisen nach unten gezogen wurde ein Stück es lag nicht an den Sachen die er anziehen sollte natürlich sträubte sich alles in ihm dagegen dass er die Sachen seines Vaters auftragen sollte und dann noch dazu solche Kleidung die Sachen sahen verschlissen aber dafür sauber aus er würde sich fügen damit hatte er kein Problem seine Klappe würde ihn früher oder später noch in Bedrängnis bringen aber er wollte sich nicht vor dem Mann ausziehen die Scham pumpte durch seinen Körper und ihm wurde trotz seiner triefend nassen Kleidung heiß er wusste dass Harry es nicht gut heißen würde wenn er sich vor dem Mann auszog um genauer zu sein die Vila wusste dass Harry es nicht gut heißen würde kleiner Malfoy du willst doch nicht jetzt schon den ersten Punkt sammeln um in die Zelle zu kommen missmutig wandte Draco den Blick ab und begann dann sein Hemd zu öffnen während der Mann ihm mit leicht geöffneten Lippen dabei zusah sein Blick klebte förmlich an Dracos Fingern als er Jackett und Temp geöffnet hatte verharrte Draco und der Wärter zauberte ihm die Sachen weg welche er wegen seinen gefesselten Händen nicht abstreifen konnte unruhig blieb Draco stehen und der Mann musterte aufmerksam Dracos Narben auf der Brust ehe sein Blick zu dem dunklen Mal ging kaum merklich schüttelte er den Kopf wieder Daddy kleiner Malfoy dann deutete er auf die Hose mach weiter etwas in Draco rebellierte als er sich langsam nachdem er sich halb von dem Mann weggedreht hatte erst Schuhe und Socken und dann die Hose auszog welche er über den Stuhl legte auf welchen seine neuen Sachen lagen der Wärter nickte auf Dracos Boxer Shorts und Dracos Brustkorb verspannte sich heftig mit geschlossenem Mund würgte er und hatte sein Frühstück bestehend aus Kaffee im Mund Draco schluckte den hochgewürgten Kaffee wieder herunter und zog sich dann das letzte Kleidungsstück aus Teil 42 Auf einmal war er froh über die Ketten welche seine Hände knapp vor seinem Penis hielten und er sich so nicht auch noch der Schmach geben musste seine Geschlechtsteile vor dem Blick des Mannes zu verstecken Da hinüber dirigierte der Draco folgte ihm versuchte sich stets einen Schritt hinter ihm zu halten doch vor der gefließten Wand musste er stehen bleiben umdrehen bekam er die klare Aufforderung und Draco tat wie ihm geheißen langsam wandte er dem Mann den Rücken zu und spürte selber wie er vor Anstrengung die Pobacken und seinen Rücken verspannte unvorbereitet ohne ein Wort des Wächters schoss ein Strahlwasser auf seinen Rücken welcher ihn straucheln und gegen die Wand stoßen ließ das Wasser war einige Grad zu kalt als dass man es als warm hätte bezeichnen können und Draco roch dass es sich nicht nur um Wasser sondern um etwas anderes handeln musste seine Augen begann zu drehen als ihm der Strahlwasser in den Nacken gerichtet und ihm dadurch feine Wassertropfen in die Augen gewebelt wurden er presste beide Hände gegen die Wand um durch den Druck nicht mit dem Körper dagegen gestoßen zu werden umdrehen Draco biss sich auf die Unterlippe er war halb blind von der Seife oder mit was auch immer er abgespritzt wurde seine Augen tränten heftig und er presste sie zusammen als der Strahl ihn an der Brust und Schulter traf ihm so die feinen Tropfen ins Gesicht spritzten vielleicht war es Zufall oder der Wärter war wirklich darauf bedacht denn der kräftige Wasserstrahl folgte den Armen Bauch und dann den Beinen aber kam Draco Schritt nicht zu nah halb dankbar dafür dass seine Geschlechtsteile nicht betroffen waren atmete Draco tief durch durch den Schleier aus Tränen und Seife in seinen Augen welche Draco bemüht war weg zu ihm kurz verspannte Draco sich als der Mann welchen er nur als Schatten wahrnehmen konnte neben ihm zum Stehen kam Arme hoch zögernd gehorchte Draco wieder wallte ein unglaublicher Unwille in ihm auf doch er biss sich heftig auf die Zunge er musste gehorchen selbst wenn es die dämliche Wila nicht einsah über den Kopf wurde die Aussage präzensiert und Draco schloss resignierend die Augen während sein Magen so sehr zusammen krampfte dass ihm nun auch Schmerzen Tränen über die Wange ran er spürte einen Zauber an seinen Achseln und dann ziemlich unerwartet eine Hand an seinem Penis er zuckte zusammen und machte einen Schritt zurück doch sein Werther trat hinterher Finger weg schnorzte er den Mann an stellte aber fest dass er seine Arme nicht mehr senken konnte genauso wie er nicht weiter zurück gehen konnte ein kurzer Blick nach oben enthüllte dass sich um seine Handfesseln weitere dünne glänzende Seile gewunden hatten die seinen Körper an Ort und Stelle hielten das ist eine Säuberung die jeder Gefangene machen muss wir wollen hier weder versteckte Gegenstände noch Drogen noch Ungeziefer eingeschleppt bekommen leierte der Mann gelangweilt herunter während Draco das desinfizierende Wasser seine Beine runterrinnen spürte sie sind hier das einzige große Ungeziefer das ich sehen kann schnappte Draco zurück und konnte spüren wie er Magenschmerzen bekam wenn seine Wieler ein greifbarer Parasit gewesen wäre dann würde sie sich jetzt in seinem Inneren winden wie ein Wurm umdrehen sagte der Werther wieder gelangweilt er schien in seiner Laufbahn schon so einiges gehört zu haben und Draco schien ihm keine neuen Beleidigungen entgegenschleudern zu können welche der Aufseher nicht schon kannte Draco dachte aber nicht mal daran dem Befehl Folge zu leisten der Werther seufzte auf du wirst viel Zeit in der Zelle verbringen kleiner Malfoy prophezeite er ihm und mit einem weiteren Schnipsen seines Stabes begannen die Fesseln sich zu drehen so dass Draco sich mit ihnen wenden musste oder seine Arme wären schmerzhaft verdreht worden Draco spürte die kühle Spitze des Stabes an seinem entblößten Hintern ein Wimmern wollte sich über seine Lippen schleichen aber er presste seine Zähne so heftig zusammen dass sein Kiefer zu Schmerzen begann die Hand des Mannes legte sich auf seine Pobacken und zog sie auseinander Draco spürte sich selber noch heftiger verkrampfen er hatte eine Vorahnung was jetzt kam schloss resignierend die Augen senkte den Kopf und dachte an Paris an das riesige Bett in welchem vier Leute hätten schlafen können ohne sich zu berühren er dachte an Harry wie er morgens versucht hatte seine Morgenlatte zu verstecken wie er schimpfend durch die Wohnung gerannt war während das Geschenk welches er für seine Schlammblut Freundin gekauft hatte kichernd und scheppernd vor ihm durch die Suite gesprungen war Draco wusste noch genau wie Harry schließlich außer Atem neben ihm auf das Sofa gesunken war ich wollte nur kurz schauen ob es funktioniert ich habe dich gewarnt Harry hatte dem Schlammblut einen Wecker gekauft welcher morgens wenn man aufstehen sollte vom Nachtisch sprang und dann so lange Lärm machte bis man aufstand und das Ding eingefangen hatte bei dem Wecker konnte man drei Schwierigkeitsstufen einstellen von einfach über normal bis schwer wenn man einfach wählte dann konnte man den Wecker eben einfach einfangen und ihn ausschalten Draco hatte Harry gewarnt dass wenn er den Wecker auf schwer stellen würde er das Ding nie wieder einfangen können würde und jetzt hüpfte der Wecker klingelt im Nebenzimmer auf und ab während Draco sich die Lachtränen von den Wangen wischte er hatte sich sobald das Ding zu Leuten angefangen hatte auf das Sofa verzogen und hatte Harry dabei zugeschaut wie er kreuz und quer durch die Suite gesprungen war er war über den Tisch gekrochen wo der Wecker scheppernd auf und nieder gehüpft war doch als Harry die Hand ausgestreckt hatte hatte er sich wieder auf den Weg gemacht und Harry war schimpfend auf alles was magisch war unter dem Tisch hervorgekrochen auf seiner Jagd war einiges zu Bruch gegangen und Draco hatte sich fast den Hals verrenkt um keine Sekunde des Spektakels zu verpassen Als Draco Harry welcher immer noch außer Atem gewesen war langsam den Pullover über den Kopf zu ziehen begonnen und Harry Draco bestimmt auf das Sofa gedrückt hatte Draco ein Petrificus Totalus auf den Wecker geschleudert welcher in der Luft erstarrte und dann scheppernd auf den Boden aufgekommen war ehe er sich wieder ein wenig aufrichtete und Harry sanft aber bestimmt geküsst hatte eine Hand um seinen Arm riss ihn von dem Sofa weg auf welchem Harry ihm gerade das Hemd öffnete und er brauchte zwei Schritte ehe ihm klar wurde wo er war sein Hintern brannte und Draco schluckte heftig während ihn der Werther mit einem Schwung seines Stabes bekleidete an sich hinab schauen wollte Draco nicht deswegen hielt ein Blick starr einige Zentimeter einem Werther vorbeigerichtet dieser schwieg genauso wie er packte ihn am Arm und führte ihn einige Räume weiter zu einem Mann welcher in einem limongrünen Kittel gekleidet in einer kleinen Krankenstation saß er sah von seinem Kreuz fort Heftchen hoch musterte Draco und ließ sich dann die Akte reichen der Wächter setzte sich auf einen Stuhl in der Ecke und der Heiler blätterte durch Dweckos Unterlagen Allergien Beschwerden Sonstiges fragte er nach und machte kleine Notizen Nein gab Dwecko zurück und hörte selber wie schrecklich rau seine Stimme klang er räusperte sich sagte dann noch mal diesmal fester nicht so als ob er gerade geheult hätte Nein legen sie sich auf die Liege ordnete der Heiler an und Dwecko ließ sich darauf sinken Der Mann schwang seinen Stab und Diagnose Kugeln flitzten über Dweckos Körper Er nickte einige Male und sagte dann Gut drehen sie sich auf den Bauch Eigentlich wollte Dwecko nach dem Wieso fragen ließ es dann aber sein Was würde es ihm bringen wenn er diskutierte Er resignierte schon wieder und drehte sich auf den Bauch wobei sich die Doch er sagte keinen Ton Der Heiler neben ihn wandte sich ab durchsuchte seine Schränke ehe er sich wieder zu Dwecko wandte welcher ihn aus dem Augenwinkel beobachtet hatte Der Heiler schwang seinen Zauberstab über Dwecko und dieser wollte sofort hochrucken doch lange Lederriemen hielten seinen Körper auf der Pritsche Was fragte er aufgebracht und stellte fest dass er sich keinen Zentimeter mehr rühren konnte als der Heiler ihn mit einem weiteren Spruch lähmte so wie Dwecko es mit dem Wecker gemacht hatte Nun Mr. Malfoy begann der Heiler und drehte Dweckos Kopf ein wenig gerade so dass dieser mit der Stirn auf der Unterlage zum liegen kam Seine Augen hatten sich panisch geweitet und er spürte die Feuchtigkeit welche sich auf dem Material der Liege durch seinen eigenen Atem sammelte Sie als Weiler sollten wissen welche Methoden es zur Unterdrückung ihrer sterblosen Magie gibt eine Möglichkeit tragen sie um ihre Handgelenke allerdings verliert dieser Zauber schnell an Wirksamkeit und muss von fachkundigem Personal laufend erneuert werden Dwecko spürte die kühlen Finger des Mannes an seinem Nacken welcher seine Haare zur Seite strich und dessen Finger tastend und rückend über seinen Schädelknochen glitten Wie Sie sicher wissen hat jeder Zauberer ein Magie Zentrum Je mächtiger der Zauberer desto größer das Zentrum Aber ich schweife ab Um Magie bei einem einfachen Zauberer zu unterdrücken reicht es wenn man ihn seinem Stab abnimmt Aber bei ihnen würde das gar nichts bringen Wahrscheinlich können sie uns alle auch ohne Stab in Asche verwandeln wenn sie mit dem Finger schnipsen Hey Grünkitte bring mich Klappe rief der Heiler zurück Doch ihr Wortgefecht hatte keinerlei Schärfe und der Aufseher lachte leise auf Ein leises Rascheln und das Quietschen eines aufgeschraubten Glases drangen an Drakos Ohr Ich werde ihnen nun eine Nadel aus rostfreiem Stahl von hier Er tippte mit einem Finger oder seinem Stab kurz unterhalb von Drakos Schädel bis zu ihrem Magiezentrum führen Bleibende Schäden müssen sie nicht erwarten Die Nadel wird in einem speziellen dafür vorgesehenen Gift getränkt Die Dosis welche an der Nadel haftet ist ein Jahr oder länger haltbar Das Gute dabei ist fuhr der Heiler fort und Drakos spürte ein schmerzhaftes Drücken an seinem Nacken Dass wenn ihnen die Nadel wieder entfernt wird sie ihre Innerlich schrie Draco auf Innerlich heulte er und bettelte um Vergebung Er wandte sich und brüllte vor Schmerz auf Aber außer dass er sein Atem beschleunigte sah man nichts von den höllischen Qualen Er spürte wie eine Nadel langsam durch seine empfindliche Haut an seinem Nacken gestoßen wurde Auch wenn ihm sein Verstand sagte dass er sich um eine hauchdünne Nadel handeln als ob ihm eine Stricknadel in seinen Kopf gerammt wurde und sich Millimeter für Millimeter vorschob Als er dachte die Schmerzen nicht mehr aushalten zu können und ohnmächtig zu werden sah er trotz geöffneter Augen die blaue Unterlage verblassen und dann war da nur noch strahlendes weiß und mit der weißen Farbe starb etwas in seinem Kopf Klo und Bett verkündete sein Aufseher und entfernte Draco die Fesseln und die Wieler Bänder von seinen Handgelenken Er sagte noch etwas aber Draco konnte ihn kaum verstehen In seinen Ohren rauschte es und noch immer sickerte ein wenig Blut aus der kleinen Wunde an seinem Nacken und ran dickflüssig seinen Rücken hinunter Benommen vernahm Draco wie die Tür hinter ihm ins Schloss fiel Er stürzte nach vorne zu dem Klo dass es keinen Toilettendeckel gab ehe er sich darüber beugte und sich heftig erbrach Teil 43 Draco fragte Harry als er eintrat und sich seinen braun Aurorenmantel enger um die Schultern zog In dem Untersuchungszimmer war es zwar sauberer und es tropfte weder von der Decke noch von den Wänden aber es war auch hier wahnsinnig kalt Dracos Hände waren wieder mit zwei Eisenhandschellen gefesselt und klirrten leise als er sich aufsetzte sie hatten ihn nach einiger Zeit aus der Zelle geholt gerade so lange dass er sich wieder zusammenreißen konnte und ruhiger geworden war mit angezogenen Beinen hatte er auf der Matratze gesessen als sie ihn wieder gefesselt und ihn dann mit sich genommen hatten sie hatten Draco gesagt dass Harry sich angekündigt hatte und ihm war ein Stein vom Herzen gefallen Potter gab Draco zurück und legte seine Hände von dem Tisch auf seinen Schoß sodass Harry sie nicht mehr sehen konnte unschlüssig blieb Harry stehen und musterte ihn ehe er sich einen Stuhl zurück zog und die Akte auf den Tisch legte natürlich hatte er keinen Zauberstab dabei aber einen Stoff Zauber eingewoben Draco zog seine Füße ein Stückchen an dass nur noch die bloßen Zehenspitzen auf dem eiskalten Boden standen manchmal hatte Draco den Eindruck dass die Wärter sie mit Absicht frieren ließen vielleicht hatten sie die berechtigte Hoffnung dass die Gefangenen irgendwann mal an einer Lungenentzündung krepierten Harry sah sich um und sagte dann deutlich Harry James Potter Auro Klasse 2 Kennwort Zaubertränke Keine Mitschrift erwünscht Vollkommen verdutzt starrte Dragween an Hatte Harry jetzt schon den Verstand verloren obwohl er erst seit einigen Minuten in Azkaban war Sie haben sich einiges von Muggeln abgeschaut Egal was wir jetzt gesagt hätten es wäre mitgeschrieben worden so dass ich es hätte mitnehmen können Zudem wäre ein Durchschlag in deine Akte gewandert Aha gab Dweco nur schlicht zurück und sah sich dann beklemmt um Zaubertränke als Passwort ernsthaft Keiner kommt darauf gab Harry gut gelaunt zurück ehe er nun sehr viel ernster Dwecos Gesicht Hals und die Kleider musterte Alles okay wollte er dann wissen Du kannst dir nicht vorstellen was für einen herrlichen Blick ich von meinem Balkon aus habe Ich kann das Meer sehen und an guten Tagen hat der Butler gesagt auch das Festland Aber du müsstest das aufgebaute Bankett sehen Merlin wie ich mich aufs Abendessen freue So beschissen fragte Harry gelassen nach Merlin Potter das ist Azkaban was denkst du denn Hatte jemand was getan Nun war es Andrako kurz zu zögern Eigentlich hatte ihm niemand Leid zu gefügt Die Säuberungs Aktion kam ihm in den Sinn und er wog ab ob er es Harry sagen sollte entschied sich dann aber dagegen Was sollte Harry denn schon machen sich beschweren gehen aber einen wirklichen Grund dafür gab es nicht Zudem würde in Harry wieder die Helden Ader anschwellen und er würde sich schützend vor Draco aufbauen Was der Held nicht wusste das brachte ihn weniger schnell an einen Herzinfarkt Die bösen Jungs aus Zelle 90 und 103 haben mir mein Lieblingsstift geklaut Hast du Neuigkeiten oder soll ich dir erzählen welche kuschelige Farbe die Bettwäsche hat Keine sagte Harry dann und Draco erschauderte merklich nicht nur wegen der dauerhaften Kälte die sich durch seine Knochen fraß sondern auch weil er hier bleiben musste Er wusste dass die Säuberungsaktion und die Nadel welche immer noch tief in seinem Nacken steckte nur der Anfang gewesen waren Bis jetzt hatte ihn nur der Wärter vor welchem er sich ausziehen gemusst hatte interessiert gemustert und wer wirklich glaubte dass das schlimmste an Asgaban die Dementoren gewesen waren dessen Kopf war zu oft mit einem Stein kollidiert oder eben nicht oft genug Als er heute morgen nur noch Galle gespuckt hatte hatte er sich aufgerichtet keuchend die Spülung betätigt und sich dann an den Nacken gefasst Seine Finger waren über eine knutgroße harte Scheibe gefahren welche mit Krallen in seine Haut befestigt war Die Scheibe hielt die Nadel an Ort und Stelle und hielt auch Draco davon ab das störende Ding raus zu ziehen Solange Draco den Kopf nicht so schnell bewegte spürte er weder den Verschluss noch die Nadel aber dafür das Gift Es fehlte ihm keine Hand oder ein Fuß Es war auch nicht so dass er eben keinen Zauberstab zur Hand hatte als er sich den Mund reinigen oder ein Wärmezauber sprechen wollte Etwas in ihm war gelähmt tot und er spürte diesen Fleck Es fühlte sich an als ob es gab und es löste in ihm mehr Panik aus als wenn er seinen Stab zerbrochen hätte oder aber auch jede Säuberung die er über sich ergehen lassen musste Hier sagte Harry plötzlich zog sich seinen Mantel aus und hielt ihn Draco über den Tisch hin weg hin Was soll ich damit Hast du da einen Flecken drauf Gib ihn deinem house Elf Murren verdrehte Harry die Augen stand auf und legte den Mantel um Dracos Schultern Einige Augenblicke verweilten seine Hände dort ehe sie zärtlich über Dracos Hals fuhren Dank seiner langen Haare konnte Harry die Scheibe nicht sehen sonst würde er sofort mit nichts als einer Feder bewaffnet losstürmen und Rache fordern Der Wärmezauber umfing Draco und er entspannte sich merklich Harrys Geruch stieg ihm in die Nase und auf einmal war der Wärter Asgaban und seine Zelle weit weg Draco begann Harry als dieser die Beine auf den Stuhl anzog und den Mantel darum schwang Die Wärme lullte ihn ein und er konnte es nicht verhindern dass sich seine Augen kurz schlossen Hm machte Draco und sah Harry wieder an Lass mich ihm sagen dass ich dein Herr bin Als Draco ihn unterbrechen wollte hob Harry eine Hand Warte bitte ich weiß was du sagen willst aber sie könnten mir Veritas hier umgeben mich fragen ob ich es dir befohlen habe und ob wir eine Absprache haben oder sonst was danach kann ich dich alles fragen ob du es warst ob du weißt wer es war ob ich es dir befohlen habe ich könnte als dein Veritaserum fungieren Potter das hast du dir wirklich fein ausgedacht aber eine Sache hast du vergessen was wenn du mir befohlen hast ihn um zu bringen und gleich darauf der nächste Befehl kam dass ich dich ob bliviat soll naja okay aber das kann man dann ja auch wieder rückgängig machen das ist nicht so leicht wie du glaubst vor allem wenn man nicht weiß nach was genau gesucht wird es kann auch sein dass du mir den befehl vor drei jahren gegeben hast weißt du wie lange es dauert deine erinnerung zu durchforsten bis man das fehlende puzzlestück gefunden hat ein leises zustimmendes brumm von harry war die antwort und drago nahm das als ansporn um weiter zu machen was wenn ich eine aussage von dir missverstanden habe dass du mal gesagt hast dass du dir wünschst dass er stirbt und ich den befehl ausgeführt habe ja das wäre eine möglichkeit aber das lösen wir indem ich dich frage ob du es warst falsch potter ich bin eine wieler und ich würde lügen um schaden von dir abzuwenden du kannst mich nicht anlügen fuhr harry gleich auf du scheinst deine universal befehle zu vergessen was wenn dich oder mich jemand bedroht und ich deswegen pickelfresse den chaos gemacht habe um dich oder eben mich zu schützen ich dürfte lügen was das zeug hält harrys stocken zeigte draco deutlich dass er recht hatte verstehst du es zu viele wenns zu viele abers halte dich bloß bedeckt und finde den jenigen der mir einen mord anhängen will sobald du sagst wer du bist sei dir sicher dass sie dich nicht mehr zu mir lassen und wenn ich schon in meinem kuscheligen zimmer sitzen muss nur so nebenbei der zimmerservice putzt die ecken nicht sonderlich gründlich dann will ich nicht auch noch das gefühl haben von innen heraus zu verrotten betroffen senkte harry den blick auf seine akte welche geschlossen vor ihm lag und dachte wohl an den abend als er die kröte aus seinem haus geworfen hatte wonach draco in einen winterschlaf gefallen war auch draco entfernungsschmerzen seiner gesundheit wirklich zuträglich waren sie sprachen das thema nicht mehr an weil es nichts mehr zu klären gab harry durfte sich nicht selber den behörden ausliefern und draco musste einfach warten bis harry fortschritte machte sie sprachen über belanglosigkeiten bis harry wieder gehen musste allerdings sie ist das versprechen da spätestens übermorgen wieder zu kommen irgendwie war ihm klar dass er schlief vielleicht weil die farben viel zu hell waren oder auch weil er die harte matratze unter sich spürte vielleicht auch weil er die ganze zeit zwischen wach und schlaf hin und her dümpelte ohne wirklich anzukommen er stand in einem zimmer und blickte auf den balkon vor sich sah er harry welcher die arme auf das geländer gestützt hatte unter ihm erstreckte er regte sich nicht und nur ab und an wehte der wind draco den geruch von zerfall und moder in die nase eigentlich wollte er harry fragen warum er im dunkeln stand und sich diesen gestank eintat aber er machte es nicht er stand nur an der terrassentür und spürte den nagel welcher aus dem holz hervorstand und ihm schmerzhaft in den draco schlug die augen auf ihm war eiskalt und er schniefte weil ihm rotz aus der nase zu laufen drohte rasch setzte er sich auf und fuhr sich mit dem handdrücken über die nase während er überlegte woher jetzt ein taschentuch herbekommen sollte als sein blick aber auf das grob verputzte mauerwerk fiel seufzte er auf zum ersten mal in seinem leben zog er den rotz hoch und schluckte sein frühstück bestand aus was was wohl als haferschleim gekocht mit was identifizieren konnte angewidert rührte draco darin herum ehe er sich entschied es auf zu essen wer wusste schon wie lange er hier bleiben musste es schmeckte ähnlich wie es aussah und draco dankte seiner verstopften Nase dass er es nicht riechen musste einige zeit danach geschah nichts und raco beschränkte sich darauf dass er sich die decke um die schultern schlangen um nicht zu sehr zu bibbern an den wänden tropfte wasser hinunter und an der außen mauer hatten sich kleine kristalle gebildet auf einigen pfützen am boden hatte sich eine leichte eisschicht gebildet warum hatte er auch nicht im hochsommer jemanden angeblich umbringen können die kühlen mauer asgabans hätten sicher die furchtbare hitze draußen gehalten melfoy dweco schreckte zusammen er war eingenickt rasch befreite er sich aus dem decken knäuel welches er um sich geschlungen hatte und stand auf in der tür stand ein kleiner dicklicher mann der seinen finger auf dem klemmbrett hatte und damit hoch und runter fuhr melfoy wiederholte er während er seinen stab in dracos richtung schwang und sich fesseln um seine handgelenke fügten kartoffeln schälen bitte was fragte draco perplex nach und blieb mitten im schritt stehen so dass sein fuß nun in einer der fitzen stand welche sich in unregelmäßigen abständen auf dem boden gebildet hatten kartoffeln schälen wiederholte der man abermals und blickte draco nun zum ersten mal an welchem es eiskalt über den rücken ran der blick des mannes bekam eine gierige note ging über sein gesicht folgte seinem oberkörper und blieb schließlich bei seinen bloßen füßen hängen welche in einer kleinen wasserfütze standen so schnell draco konnte trat er nah zu dem mann so dass dieser ihn zwangsläufig aus der zelle gehen lassen musste mit komm sagte er und ging los während draco vor ihm her gehen musste du bist der sohn von lucius das war eindeutig eine aussage und keine frage deswegen beschränkte draco seine antwort darauf sich zu überlegen was er als erstes tun würde wenn sie ihn hier raus ließen bis jetzt schwankte er zwischen an die mauer von askaban zu pinkeln und einem langen schaumbad ich konnte deinen vater herzlichen glückwunsch aber wenn es in ganz england auch nur einen zauberer gibt der meinen vater nicht kannte der bekommt das halbe melfoy vermögen der werter blickte ihn verdutzt an und verlangsamte merklich seine schritte draco könnte sich gerade selber an den hintern treten warum verwarf er nur immer seine eigenen guten ideen und seine beste in den letzten zwei tagen war eindeutig die gewesen gleich nachdem er bei der verdammten pickelfresse erste hilfe hatte leisten wollen dass er den mund halten würde einfach alles still ertragen nur sein mund war eben schneller als die guten Vorsätze sie traten durch eine tür und befanden sich in einem relativ hellen raum dessen mitte ein langer tisch bildete an beiden seiten standen schon andere gefangene welche ihre hände auf die stuhllehen vorn sich gelegt hatten es wirkte bizarrerweise wie bei einem todessertreffen die stimmung war ähnlich düster und zudem erkannte draco einige bekannte gesichter fehlte nur noch dass Voldemort zu ihnen trat und am oberen ende platz nahm stumm wurde er gemustert als sein zu einem der stühle brachte und draco rasch seine hände auf die lehne legte einige der anderen gefangenen verengten die augen und ihm stuhl greifbarer hass entgegen unauffällig musterte draco den mann neben sich und war erleichtert dass er sich um irgendeinen anderen schwerverbrecher handelte der wohl nichts mit Voldemort am Hut hatte aber bei dracos glück war es wahrscheinlich ein verkappter held der jagd auf tod das er gemacht hatte und deswegen einsaß obwohl er dann wohl eher ein orden an der brust und ein nettes anwesen verdient hätte auf einen pfiffen setzten sich alle und draco beeilte sich es ihnen leicht zu tun unsicher musterte er dem mann neben sich vor welchem ein ganzer haufen knollen erschien rasch blickte draco vor sich und musterte den haufen welcher nun vor ihm lag er nahm stark an dass es kartoffeln waren denn der werte hatte etwas vom schälen derselben gesagt er wusste dass um kartoffeln eine schale war wie um äpfel denn in hogwarts hatte es ab und an of kartoffeln gegeben von welchem draco allerdings die finger gelassen hatte gemüseschälen war aufgabe der hauselfen definitiv nicht seine aus dem augenwinkel sah er zu wie der man neben ihm ein seltsames gerät griff und damit begann das braune außen herum weg zu machen so dass das innere der kartoffeln zum vorschein kam es war ein kampf recht schnell hatte er durchschaut wie man das nicht magische gerät wohl bediente nur wollte die schale um die kartoffel nicht so wie er wollte entweder die schale nicht mal im ansatz gleichmäßig ab und als er sich dann auch noch in den finger schnitt war er kurz davor alles von sich zu schmeißen und die arme wie ein bockiges kleines kind vor der brust zu verschränken zu guter letzt rutschte ihm eine fertige schielte kartoffel zwischen den fingern weg und schlitterte über den Tisch nur um knapp vor einem Todesser liegen zu bleiben welcher seinen Blick langsam auf Draco richtete hey Vila Dracos Schultern verspannten sich und Alice rasch das Muggelgerät fallen doch der Ruf galt nicht ihm zwei Wärter hielten nicht auf seiner Tischseite auf ihn zu sondern durchquerten den Raum auf der anderen Seite Draco folgte den Häftlingen die auf dieser Seite saßen mit den Augen und blieb schließlich an einer zierlichen blonten Frau hängen welche mit einer bemerkenswerte Ruhe auch Kartoffeln schälte wobei sie nicht nur die Schale entfernte sondern anscheinend so lange weitermachte bis sie die ganze Kartoffel in feine Streifen geschnitten hatte einer der Wärter schlug ihr den Schäler aus der Hand worauf sie sich mit den Fingern langsam durch die Haare ging und die meiden Männer musterte ehe sie aufsah und nun Draco fast eindringlich anstarrte Teil 44 Das war die Wila welche von ihrem Herrn verstoßen worden war Ihr lange Saar lag offen über ihren Schultern und abgesehen davon dass sie zu dünn war war sie das schönste Wesen in diesem Raum wahrscheinlich in ganz Asgaban man konnte ihr gar nicht zutrauen dass sie zwei Zauberer angegriffen und den einen dabei getötet hatte soweit Draco wusste war sie ziemlich schnell verurteilt worden er hatte komplett vergessen dass sie auch hier war kein Wunder dass der Heiler sofort wusste wie er mit Dracos Wilamagie umzugehen hatte was soll das werden fauchte der Aufseher sie an und deutete mahnt auf die Kartoffelscheiben vor ihr sie löste langsam den Blick von Draco und blickte den Wärter herausfordernd an ich denke nicht dass ich als Wieler solche niedrigen Aufgaben erledigen sollte wir sind reinere Wesen als ihr Zauberer einige Totesser schnarrten mit den Füßen und starrten sich untereinander und dann wieder sie an wiederhol das du Drecksstück knurr knurrte knurrte großer hagerer Mann welcher Draco stark an Snape erinnerte ich sagte du Affen hier dass wir von Vögeln abstammen großen ehrbaren Wesen der Lüfte frei und unabhängig ihr seid nur von euren Bäumen auf die Erde gefallen und habt schließlich ein kleines Stöckchen gefunden mit denen ihr süße Tricks machen könnt zieht mir diese Nadel aus meinem Nacken und dann zeigt mir wie mächtig ihr seid wenn ihr euer Stöckchen nicht dabei habt ihr seid nicht besser als die Muggel die ihr so verachtet du Schlampe brüllte der Hagere und stand druckartig auf mit ihm erhoben sich andere Gefangene und Draco erkannte dass nicht nur ehemalige Todesser darunter waren ich mach dich du wertloses Halbblut dafür dass du dich jetzt so aufpumpst habt ihr euch ziemlich vergriffen was eure Auswahl in eurem exklusiven Verein angeht nicht Draco hatte eine böse Vorahnung was jetzt kommen würde und versuchte sich hinter seinem Kartoffelberg möglichst klein zu machen aber das brachte alles nichts unter unserem dunklen Lord haben nur reine Zauberer gedient er wollte die Welt von solchen Viechern wie dir befreien euch zeigen wo euer Platz ist und das ist zu meinen Füßen wo du mir den Schwanz lecken darfst dafür ist das mal auf dem Arm der Wieler wie schwarz schwarz sie hob ihre gefesselte hand und deutete auf Draco natürlich hatte sie ihn erkannt wenn er nicht so darauf bedacht gewesen wäre nicht aus der Masse heraus zu stechen dann wäre sie ihm sicher auch früher aufgefallen jetzt hatte er ein Problem er und seine Mutter waren nicht nur straffrei davon gekommen sondern hatten den Helden unterstützt er war ein Verräter und Draco war sich sicher dass in Asgaban über nichts auch nur eine winzige Schicht Gras wuchs egal wie viel Zeit verging nicht mal Unkraut wucherte hinter diesen Mauern kurz blickte Draco Hilfe suchend zu den Wärtern die aber standen nur gelassen hinter der Wieler und beobachteten die eskalierende Situation Entweder es war ihnen egal was jetzt geschah und sie genossen das Schauspiel oder sie hatten es darauf angelegt Vielleicht hofften sie ja dass sie sich alle umbrachten und sie dann weniger zu tun hatten nachdem sie Leichen weggeräumt hatten Ein großes Loch auf dem Friedhof sie alle samt dem Gemüsezeug rein Erde drauf fertig war das Massengrab Hey Malfoy bellte ihn einer der Todesser an mit welchen Draco einige Male gesprochen hatte Stimmt es was das Dreckstück da sagt Gehörst du zu ihrer Rasse Die ist nicht besser als die Hauselfen die unseren Dreck weg lecken Die beste Entscheidung wäre gewesen einfach den Mund zu halten Aber wenn Draco das tun würde da war er sich sicher würde er noch mehr Probleme bekommen War nur die Frage ob Lügen würde spätestens dann auffliegen wenn jemand das Schlussstück in seinem Nacken sah oder wenn einer der Werter reden würde Wenn er die Wahrheit sagen würde dann könnte er sich genauso gut gleich in seiner Zelle eine besonders tiefe Pfütze aussuchen und versuchen sich darin zu ertränken Also stand er auch auf und musterte sein Gegenüber und lächelte nachsichtig Was ich bin und was nicht geht besonders dich ein Scheißdreck an Soweit ich mich erinnere warst du einer der Speichellecker von Voldemort und als es dann an die Schlacht ging hast du dir doch einen Fuß in deinen Highheels verstaucht und konntest dann nicht mitmachen Ein Schaudern lief durch alle Anwesenden als Dweco Voldemort sagte Allerdings kicherten die meisten Todesser als sie sich daran erinnerten dass Dweco sehr wohl recht hatte mit dem was er da sagte Ich hatte mir mein Bein gebrochen schrie ihn der Todesser an Selbst die Flachpfeife Long Bottom hatte sich sein Bein gebrochen und er hat Nagini getötet Unser geschätzter Held Potter ist sogar gestorben und hat trotzdem weiter gekämpft Ich bring dich um du widerliche Missgeburt brüllte der Todesser und stieß seinen Stuhl nach hinten Er stellte seinen blanken Fuß auf die Tischplatte um sich auf Dweco zu stürzen Er war mal wieder zu weit gegangen und sah sich schon mit dem Todesser auf seiner Brust vor sich wie dieser ihn mit dem Kartoffelschäler bearbeitete Allerdings wurde der andere als Dweco dabei war zurückzuweichen von mehreren Seilen umschlungen welche ihn auf die Platte stürzen ließen wo er bewegungslos dafür aber immer noch schreiend und Verwünschungen ausstoßend liegen blieb Die Wärter schienen nur auf Verstärkung gewartet zu haben denn zehn Männer standen im Raum und Dweco folgte dem Beispiel der anderen und ging auf die Knie Sie schienen das schon zu kennen Asgaban war wirklich ein liebreizender Ort Der Todesser wurde aus dem Raum geführt oder eher schwebend hinaus buxiert Auch die Vila wurde nach draußen begleitet doch auf Dracos Höhe blieb sie stehen und wandte sich zu ihm um Kleine Vila sprach sie ihn an und Draco beschränkte seine Reaktion darauf dass er den Kopf senkte und auf den Boden starrte Uns beiden wurde viel geschenkt Wir sind mächtig gewesen Ich hab nur den Fehler gemacht dass ich einen von den unwürdigen Affen angegriffen habe Aber jeder Affe weniger ist ein Schritt für uns an die Spitze nach oben Nun hob Draco den Kopf und starte der Vila mit offenem Mund nach Das konnte doch nicht wahr sein Selbst unter Vilas gab es Rassisten Irgendwie ironisch dass die Verfolgten nun den Spieß umdrehten Kleiner Malfoy Was kam jetzt Da du den Gefangenen gereizt hast dass er die nächsten Tage in der Zelle verbringen musst wirst du sein Gemüse auch noch schälen Wies ihn einer der Wächter auf seine Misere hin und mit dem Schnippen seines Stabes landete auch der andere Gemüsehaufen von dem Todesser bei seinem Ein leises Ächzen entfloh Dracos Lippen als er endlich die letzte Möhre sauber geschält hatte er dankte der Evolution dafür dass sie die Hauselfen und die Magie erfunden hatte nie wieder in seinem ganzen Leben würde er einfach so eine Kartoffel oder eine Möhre essen können ohne daran denken zu müssen wer sie geschält hatte wie überlebten die Muggel überhaupt an jedem Finger selbst an dem kleinen hatte Draco schwächere und tiefere Schnitte dabei war er extra vorsichtig gewesen aber das war dem Messer an dem Muggel Ding anscheinend scheißegal gewesen denn er wusste nicht mehr wie oft er die Finger in den Mund geschoben und daran genuckelt hatte er war der letzte der fertig wurde die anderen waren nach und nach zurück in ihre Zellen gebracht worden bis nur noch Draco vor seinem Berg an Gemüse gesessen war immer wieder hatte er sich überlegt sich zu weigern aber die alternative wäre weniger prickelnd gewesen wenn es einen schlimmeren Ort als Azkaban geben musste dann musste diese Zelle in welche er wandern würde wirklich eng und winzig sein er wollte es nicht testen ob man darin wirklich nicht aufrecht stehen konnte fein gemacht kleiner Malfoy lobte ihn die Wache spöttisch ich bring dich gleich zum Happer Happer fassen wir sind jetzt schon spät dran als die Wache Draco durch die doppelte Flügeltür führte war Draco klar wie spät es war alle Häftlinge saßen schon an langen Holztischen welche Draco fiese und perverse Weise an Hogwarts erinnerten ein Stoß in den Rücken brachte ihn zu setzen der Aufseher deutete auf ein Tablett das neben der Tür in der Luft schwebte mit einem Blick darauf wusste Draco dass es wahrscheinlich so schmeckte wie es aussah es ähnete erschreckender Weise dem grünen Schimmel bzw. den Algen welche an seiner Zellenwand wuchsen und sich erhob er den Blick von der Pampe und bekam aus den Augenwinkeln mit wie mehrere Gefangene ihre Nachtbahn anstießen und mit den Fingern oder mit den Löffeln auf ihn deuteten sofort straffte Draco die Schultern und schluckte trocken Sein Blick huschte die Tische entlang und er sah die vorderen Plätze alle belegt Eine ganze Gruppe an Todessern darunter der Mann seiner verstorbenen Tante Bellatrix Rudolfus Lestrange stellten ihre Mahlzeit ein und starrten ihn so hasserfüllt an dass Draco sich irgendwie gut vorstellen konnte was passieren würde wenn sie sich in einer dunklen Gasse treffen würden oder in der Winkelgasse oder vor einer ganzen Aurorengarde sie würden ihn sicher zu gerne für seinen Verrat hinrichten und dabei würde es ihm sicher nicht sonnerlich helfen dass er mit der Frau von Rudolfus verwandt gewesen war Merlin wenn er wüsste dass er vor wenigen Wochen bei den Wieseln einen Nachmittag verbracht hatte würde er ihn zu Tode foltern so schnell dass es nicht nach einer Flucht aussah ging Draco an ihn vorbei und verstand als er zwischen den vier Tischen hindurch ging auf einen Schlag die Sitzordnung zu seiner rechten saßen nur ehemalige Todesser die die für ihn gearbeitet hatten oder auf eine sonstige Art mit ihnen kollaboriert hatten auf der anderen die restlichen Gefangenen und keiner der beiden Seiten würde ihm über den Weg trauen als Draco ganz am Ende der Tische angekommen war hatte die halbe Halle aufgehört zu essen und beobachtete ihn kurz wog Draco ab was klüger wäre die Todesser würden ihn niemals bei sich sitzen lassen während die restlichen Gefangenen ihn hoffentlich nur ignorieren würden deshalb schob er sich an den Tisch zu seiner Linken und bezog damit Stellung Sofort brach eine mittelschwere Entrüstungswelle aus und das auf beiden Seiten des Raumes doch Draco senkte nur den Kopf und begann die Algengrütze zu essen er hatte sich an seinen Vorsatz gehalten und den Kopf nicht gehoben er hatte die mehr oder weniger einfallslosen Beleidigungen von beiden Seiten über sich ergehen lassen und an Harry gedacht an die kleinen süßen Stückchen welche sie jeden Tag zum Kaffee gegessen hatten nur einmal weil sie erst nicht aus dem Bett geschafft hatten sie sich abends einige eclairs geholt und dann einen Mitternacht Snack eingenommen auf einem der Turmgelände der Notre Dame Harry hatte den Verschleierungstauber über sie gesprochen und sie hatten sich mit gekreunzten Beinen gegenüber gesessen und jeder war in einer Gedankenwelt versunken gewesen Ehe Harry gesagt hatte Draco Du Ach egal Draco hatte nicht weiter reagiert und Harry war nach kurzer Zeit nervös auf seinen Hintern hin und her gerutscht Du musst mich jetzt fragen was ich sagen wollte Wieso sollte ich das machen Weil ich das bei Ginny auch immer gemacht habe Draco hatte ihn verdutzt angesehen und sich dann dermaßen einem Stück in seinen Mund verschluckt dass er fast verhusten von der Brüstung gefallen wäre Heißt das Du bist die Frau in unserer Beziehung Ach Potter ist das herrlich dann frage ich natürlich gerne Was wolltest du sagen Honey Kurz hatte Harry geschmollt dann hatte er gesagt Zum einen bin ich nicht die Frau und dann wollte ich dich fragen ob du was von den Wilas gehen spürst also kannst du spüren dass etwas anders ist Seltsamer weise war diese Frage Draco nicht sauer aufgestoßen und sie hatten danach gesittet über Wilas gesprochen Eigentlich hatte Draco erzählt und Harry hatte in der Zeit die ganzen süßen Stückchen aufgegessen Manchmal hatte Draco den Verdacht dass das Wiesel einen sehr schlechten Einfluss auf Harry hatte oder er genoss es wirklich so viele süße Stückchen zu essen wie er eben wollte Na wenn das nicht Draco Malfoy der Doppelspion ist Zischte ihm eine Stimme ins Ohr und Draco sah sich gezwungen auf zu sehen Am liebsten hätte er es nicht getan denn niemand geringeres als Crowley stand hinter ihm der Auror welcher Draco damals in einer Pfütze hatte baden lassen wollen nachdem Draco Harry geheilt hatte Als Harry ihm helfen gewollt hatte hatte der Kerl auch Harry angegriffen was diesen nach Asgaban gebracht hatte Mit Grauen erinnerte Draco sich daran dass der Mann seine Tochter im Krieg verloren hatte Jetzt hatte er einen doppelten Grund seine Aggression an Draco auszulassen Dass dieser weder für das eine noch für das andere etwas konnte würde dem Mann wahrscheinlich nicht milder stimmen Hinter ihm hatten sich weitere Männer aufgebaut welche die Arme vor der Brust verschränkt hatten und sie beide so vor den Blicken der diensthabenden Wachen abschirmten Dieses Mal wollte Draco wieder auf seine vorgefasste Meinung beharren und hielt den Mund Er senkte den Kopf und schob sich einen weiteren Löffel von der Paste über die Lippen auch wenn er kaum schlucken konnte Crowley beugte sich zu ihm runter und Draco kaute unnötigerweise angestrengt auf dem Brei herum Du musst gar nichts so tun als würdest du mich nicht hören Todesser Ich wollte dir sagen dass du vorsichtig sein sollst mit wem du dich hier drin anlegst Ende gemacht hast und wenn man niemanden hat der auf einen aufpasst Er ließ den Satz in der Luft hängen und Draco sah zu ihm hoch Und jetzt bietest du dich mit deinen Jungs als Leibwache an Ein grausames leicht irres Lächeln erschien auf Crowleys Lippen Humor hast du Malfoy Nun nein ich gedenke das nicht zu tun Auch werden wir nicht zu dumm sein Dir Abschaum die Finger schmutzig zu machen Die Hand des Mannes schob sich fast liebevoll über Dracos Rücken und sofort spannte sich dieser an Seine Finger glitten schon fast spielerisch über die Platte in Dracos Nacken tippten sie an und bewegten so die Nadel in seinem Kopf Kurz sah Draco nur weiß und spürte wie seine Nacken Muskeln nachgaben und sein Kopf nach Doch dann verschwanden die Finger wieder und Draco konnte sich davon abhalten rückwärts von der Bank zu fallen Die Finger von Crowley verfingen sich in Dracos Haaren Er strich einige Augenblicke fast liebevoll hindurch und Draco musste seinen rebellischen Magen zur Ruhe zwingen Er sagte sich selber dass der andere ihn demütigen wollte und es keine sexuellen Aspekte beinhaltete Vielleicht war es weil Draco abgelenkt war oder er war schlicht nicht darauf vorbereitet was als nächstes passierte Mit einem kräftigen Stoß krachte Dracos Wange in das restliche Püree Schmerzen explodierten gleichzeitig in seiner Wange und in seinem Kopf Er stieß ein Wimmern aus und seine Hände schlossen sich krampfhaft um die Tischplatte um sich selber davon abzuhalten sich gegen den Griff zu Wert zu setzen Der warme Atem des Mannes strich ihm über die Wange und er beugte sich tiefer bis zu Dracos Ohr Hör gut zu du kleine blonde Schlampe auch wenn ich den gleichen Kittel wie du trage so kenne ich viele von den Wachen hier persönlich sie mögen mich immerhin waren wir viele Jahre lang Kollegen und von dem ein oder anderen kenne ich sogar die Familie Draco wusste nicht was das mit ihm zu tun hatte aber er hielt still und spürte dass die Wunde an seinem Nacken wieder zu bluten begonnen hatte denn der Geruch des Essens mischte sich langsam mit dem metallischen Geruch nach Blut was ich damit sagen wollte Malfoy ist dass einige der Werte hier ganz scharf auf so frisch fleisch wie dich sind zudem sind einige immer noch ziemlich heiß darauf mir ein gefallen zu tun ich denke dass ich deinen Namen in den nächsten Gesprächen fallen lasse ich würde meine Rache bekommen und ihn würde es nicht so viel abverlangen wenn sie ihre Lieblings Gefangenen welche sie ab und sie könnten dann ihre Schicht tauschen sodass sie die Nachtwache bekommen Crowley schwieg und er hätte gar nicht mehr sagen müssen Draco verstand sehr wohl was er ihm mitteilen wollte einige Male strich der Mann ihm noch durch sein Haar dann ließ er von Draco ab aber nicht ohne diesem nochmal zu zu murmeln zu dumm dass man die Zelle nicht abschließen kann nicht wahr Malfoy erst als er und seine Kumpan weg waren hob Draco seine Wange aus dem Essen und strich es sich fahrig mit den Händen aus Gesicht und Haaren er versuchte sich selber zu beruhigen indem er sich sagte dass der Mann niemals so viel Einfluss haben konnte dass ihn jemand wirklich so etwas antun würde Crowley hatte das nur gesagt um ihn zu verängstigen und mit seiner Psyche zu spielen trotzdem verkrampfte sich immer wieder sein Brustkorb in Panik und sein eigenes Blut lief ihm gemächlich in den Ausschnitt seines Hemdes nicht nur er fürchtete sich vor der kommenden Nacht sondern die Wieler in ihm schrie vor Entsetzen laut auf dass sie und ihn jemand anfassen würde dann auch noch gegen ihren Willen brachte Draco dazu sobald er wieder in seiner Zelle war blind vor Tränen zum Klo zu stolpern sich wieder zu übergeben und dann sein Gesicht in den Händen zu vergraben so dass er selber und niemand anderes die Tränen sehen konnte die seine Wangen hinunter ran Teil 45 Dweco verglich die Nacht mit der einen nach Weihnachten die Nacht als er sich damit abgefunden hatte alleine neben dem Kamin zu verdursten er hatte dem Schneetreiben vor den Fenstern zugesehen und hatte langsam mit seinem recht kurzen Leben abgeschlossen nur damals hatte es bei seinem dahin vegetieren einen Unterschied gegeben er hatte damals gedacht zu wissen dass Harry nicht kommen würde und hatte sich damit abgefunden bald zu sterben jetzt aber hockte er mit angezogenen Bein auf seiner durchgelegenen Matratze starrte durch die Dunkelheit den Türschlitz an unter welchem ein wenig gelblich kränkliches Licht hindurchsickerte die dünne zerschlüssene Decke hatte er sich umgeschlungen und über den Kopf gezogen er hielt die Hände vor den Mund und hauchte Nein ehe er sich die nackten Zehen massierte weil diese so kalt waren dass er damit ein Glas Wasser hätte kühlen können Dreimal hatte Draco einen Schatten unter dem Türschlitz gesehen Dreimal hatte sich sein ganzer Körper schmerzhaft verkrampft Aber der Schatten war weiter gegangen und Draco vermutete ein Wächter welcher seine Runden drehte Beim ersten Mal als er den Schatten bemerkt hatte hatte seinen Magen wieder verrückt gespielt Er hatte Panik bekommen welche sich auch nicht gelegt hatte als er wieder vollkommen alleine in der Dunkelheit gesessen hatte Er hatte den Kopf zwischen die Beine gelegt und versucht gleichmäßig zu atmen ehe er an Harry gedacht hatte Sie waren in Paris spazieren gewesen Das hatten sie eigentlich ständig gemacht wenn sie sich nicht gerade gierig die Kleider vom Leib gerissen geschlafen oder gegessen hatten Schweigend waren sie dicht beieinander gehend über den Kiesweg gelaufen Einige Muggel waren ihnen mit eingezogenen Köpfen entgegen gekommen denn es waren dicke schwere Flocken vom Himmel geschwebt Draco hatte einen schlichten Zauber gewirkt sodass der Schnee um sie herum tanzte sie aber nicht berührte Schließlich hatte Harry einige Schritte auf den leicht zugeschneiten Rasen gemacht und drei ziemlich asymmetrische Schneebälle geformt welche er aufeinander gesetzt hatte Der kleine Schneemann war nicht größer als 20 Zentimeter gewesen aber Harry hatte sich begeistert zu Draco umgedreht und ihn stolz präsentiert Ganz toll Potter soll ich dir jetzt ein Sternchen in dein Heft kleben kurz hatte Harry geschmollt und dann den kleinen Schneemann welchen er noch per Zauber mit zwei schwarzen Augen einer winzigen Karotten Nase und einem sehr schiefen Mund aus schwarzen kleinen Steinen verziert hatte unter einen Baum gesetzt dann zeig mir mal dass du es besser kannst Mr. Sternchen Draco hatte nach seinem Stab gegriffen aber Harry war sofort dazwischen gegangen na na ohne Stab mit deinen eigenen Händen Murrend hatte Draco sich daran gemacht selber Schnee zusammen zu kratzen und dann einen kleinen Schneemann neben den von Harry zu stellen allerdings war seine ein Stückchen größer als der von Harry und zudem hatte er noch eine Miniaturausgabe eines Topfes auf dem Kopf seiner war definitiv schöner als der von Harry gewesen sie waren zusammen weiter gegangen ehe Draco sich abermals zu den beiden kleinen Schneegestalten umdrehte er hatte sie für die Augen der Muggel verschleiert er wusste selber nicht warum aber es hatte auch wenn es so einfach war etwas schönes und irgendwie intimes etwas was nicht durch Muggelkinder entweiht werden sollte ganz sicher war Draco sich nicht gewesen ob Harry gesehen hatte was er gemacht hatte aber Harrys kühle Finger hatten sich mit seinen verhakt die Panik war daraufhin abgeklungen aber sein Magen hatte heftig rumort vorsichtig hatte er sich aus dem Bett geschoben und sich dann vor die Kloschüsse gekniet er hatte es nicht als Strafe gesehen so wie sich die Hauselfen selber bestraften er wollte nur dass das schreckliche Gefühl in ihm aufhörte und nachdem er sich erbrochen hatte ging es ihm um einiges besser die folgenden Male hatte es ihn zwar verschreckt wenn jemand an der Tür vorbeiging doch er hatte sich vorgenommen dass er nicht mehr auf seinen panischen Magen hören und das Kotzen einstellen würde das letzte was er brauchen konnte war dass er vor lauter Panik einen Nervenkollaps bekam das Frühstück am nächsten Morgen war in etwa gleich liebreizend wie das am Tag zuvor Duelko wirkte alles dann sogar noch einmal ein der Tag war einfach nicht so furchterregend wie die Nacht auch wenn es lächerlich war und er sich wie ein kleines verschrecktes Kind fühlte als er sich die Decke umschlang und das fahle Sonnenlicht auf seinem Gesicht genoss so fühlte er sich doch sehr viel sicherer als ob das Sonnenlicht die bösen Gestalten unter seinem Bett vertreiben würde kleiner Malfoy ruckartig saß Draco aufrecht in seinem Bett na na du willst doch nicht den ganzen Tag verschlafen zog ihn der Aufseher auf Draco blinzelte gegen das helle Licht und wusste nicht ob es ihn beruhigen sollte dass er diesen Wärter nicht kannte oder nicht er entwirrte seine Beine aus der Decke stand auf und verbate sich das Gesicht zu verziehen als seine bloßen Füße in einer eiskalten Pfütze zum Stehen kam Kartoffelschälen fragte Draco mit fester Stimme und tat auf den Mann zu welcher fast ein Kopf kleiner war als er nein du hast Besuch Harry der Mann legte ihm Fesseln an und geleitete ihn aus der Zelle in den Besprechungsraum Draco setzte sich und spürte den Zauber welchen der Wärter auf ihn sprach der Spruch würde verhindern dass Draco aufstehen konnte das war ganz praktisch da er so seine Füße und Arme bis zu einem gewissen Grad frei bewegen konnte unruhig wartete er auf Draco er wusste selber dass dieser gute Neuigkeiten haben musste da er ja erst morgen wieder kommen gewollt hatte er würde heute noch hier raus kommen und die Nacht in seinem eigenen Bett verbringen oder eher in Harrys Bett aber in beiden Fällen würde er die Tür hinter sich verschließen die Tür auf der anderen Seite des Raumes öffnete sich und zu Dracos grenzenloser Enttäuschung war es nicht der kleine Goldjunge der durch den Türrahmen trat sondern ein großer Mann in einem teuren Anzug aus einem edlen grauen Material der Umhang war dunkelblau und die hellblonden Haare hatte der Mann zu einem Zopf geflochten und trug ihn über der Schulter Brauchen sie noch etwas Mr. Gabriel fragte ihn ein Wärter und musterte hoffnungsvoll das Gesicht des Mannes dieser blickte kurz zu Draco musterte ihn eindringlich ehe er sich zu dem Wächter wandte Nein danke sehr freundlich Einen Tee vielleicht oder ein Kaffee Wasser Der Idiot schien nicht zu bemerken dass die männliche Schönheit mit dem ebenmäßigen glatten Gesicht überhaupt nicht an ihm interessiert war und Draco bemerkte belustigt wie der Wärter seinen Ehering hin und her drehte Da schien jemand nicht so heterosexuell zu sein wie er glaubte Nein danke wiederholte der Mann wieder und schenkte dem Wächter ein kurzes lächeln welches dieser eifrig erwiderte wenn sie etwas brauchen sollten egal was ich bin im Raum nebenan mit einem kurzen nicken tat der Mann ein während der Wärter ihm kurz nachstarrte dann den Kopf ruckartig schüttelte und die Tür schloss ruhig durchquerte der Blonde den Raum und streckte dann Draco die Hand zum Grußen guten Morgen Mr. Malfoy ich bin Aaron Gabriel es freut mich sehr ihre Bekanntschaft zu machen Draco wusste nicht warum er die Hand des Mannes nicht schütteln wollte vielleicht weil er vorsichtig geworden war seit es eine neue Sportart zu sein schien ihn auf offener Straße anzugreifen oder ihm jeder Zauberer in ganz England nur das schlechteste wollte aber er fühlte sich gerade wie ein kleines Kind welches kein Nachtisch bekommen hatte er hatte sich auf Harry gefreut auf ein nettes und bekanntes Gesicht und die Ruhe welche von Harry ausging gelassen senkte Gabriel die Hand wieder und setzte sich wirklich krumm schien ihr erst Raco nicht zu nehmen dass dieser sich weigerte Höflichkeiten auszutauschen er sah sich um räusperte sich und sagte dann klar und deutlich Samuel Marvin Smith Werter Klasse 10 Kennwort Sauerkraut mit Würstchen keine Mitschrift erwünscht Was sollte das denn Das schien eindeutig kein Werter zu sein und wenn dann hatte dieser Werter sich wohl heute morgen bei der Wahl seiner Kleidung vertan Solche Werter gab es sicher weder in einem Muggel noch einem Zauberer Gefängnis von hier bis nach Bagdad und wieder zurück Entschuldigen zog Gabriel mit den Schultern Ich will nicht dass jemand hier mitbekommt was ich mit ihnen zu besprechen habe Ganz legal ist das natürlich nicht aber ich vermute doch mal stark dass sie nicht petzen gehen werden fügte er hinzu und musterte Draco dann feindlich Sie erlauben Mr. Malfoy Er hob die linke Hand an welcher ein goldener Ehering saß bewegte langsam die Finger und Draco spürte den leichten Zauber welcher sich auf ihn legte ihn reinigte und seine Haare von Essens Resten Schuppen und Fett befreite Damals hatte Draco nur einen kurzen Blick bei der verhassten Registrierung auf die anderen männlichen Wilas erhaschen können und war sich deswegen nicht zu 100% sicher gewesen Er erinnerte sich noch deutlich an den Jungen der noch nach Hogwarts ging und die andere männliche Wila groß schlank und neben einen hässlichen oder eben nur durchschnittlichen Herrn welcher neben dieser atemberaubenden Wila absolut unterging zu genau erinnerte Draco sich noch daran dass dieser ihm gesagt hatte dass die ganze Registrierung nur ein Haschen nach Wähler Stimmen war Gabriel erinnerte Draco ein wenig an Fleur schön gebildet klug und mutig eine gefährliche Mischung Sie wissen warum ich hier bin begann dieser das Gespräch klappte seinen Aktenkoffer auf und zog einige Bögen Pergament hervor Draco richtete sich ein ganzes Stück auf und streckte das Kinn angriffslustig nach vorne Sie sind der Gefängnisfriseur gute Arbeit und jetzt hauen sie wieder ab Gabriel stockte kurz dann begann er zu lachen und Draco ran es eiskalt den Rücken hinunter er bekam Gänsehaut denn er hatte nur bei Fleur jemals so ein glockengleiches lachen gehört nicht ganz gestand er dann kichernd ich bin hier weil ich zum Großteil neugierig bin wollen sie ein Foto von oder mit mir da müssen sie aber erst einen Termin mit meiner Sekretärin ausmachen gab Draco giftig zurück der sich wie eine Attraktion in einem Zoo vorkam bei welchem er durch die Gitterstäbe gemustert wurde und nur zum Vergnügen dieses Mannes da war wieder kicherte Gabriel und Draco musste sich eingestehen dass der Mann sich genau wie Harry nicht so schnell ins Boxhorn jagen ließ ich arbeite weder für den Propheten noch für das Ministerium ich habe ihren Fall so wie alle anderen in der Presse verfolgt also doch nur ein Autogramm schnappte Draco weder noch ich und mein Mann er stockte kurz und blickte sich unbehaglich um mein mein Herr Besitzer Master oder wie sie es auch immer nennen wollen waren besorgt wegen ihn wieso fragte Draco sofort zurück und kniff die Augen ein wenig zusammen wieso hatte Gabriel so merklich gestockt als er seinen Herrn erwähnt hatte der Ausdruck von Gabriel wurde wieder sanfter und er zuckte die Schultern weil weder er noch ich denken dass sie es waren und an ihnen ein zweites exempel statuiert werden soll das erste war die Wieler welche wahrscheinlich zurecht verurteilt wurde denn immerhin hat sie jemanden provoziert oder nicht umgebracht aber bei ihnen sieht die Lage ganz anders aus sie scheinen nicht verstoßen worden zu sein ohne auf die Frage zu warten woher er das wusste deutete er ihr her hat sie von dem band befreit sie sehen askaban zum trotz gesund wohlgenährt und gar nicht danach aus als ob sie längere zeit von ihm getrennt wären sein blick ging musternd über dracos äußeres und augenblicklich setzte dieser sich gerade hin keine male von schlechter behandlung außer dem feilchen aber das ist zu frisch als dass es von ihrem herankommt keine manisch aufgekratzten stellen und sie scheinen mir so als ob sie weder unter kopf noch magen noch sonstigen schmerzen leiden ich denke sogar dass er sie hier drin besucht hat hier arbeitet oder einsitzt schloss er seinen vortrag und lehnte sich gelassen zurück es geht sie nichts an wer er ist wollen sie geld dass sie den mund halten ich werde es ihnen zahlen die doppelte nein die dreifache summe welche das ministerium auf seinen kopf angesetzt hat aber gabriel winkte gelassen ab behalten sie ihr gold mr melfoy zu viel gold verdirbt den charakter ich will nur mit ihnen sprechen das ist alles mein wieder zögerte er merklich her und ich wir verfolgen die wieler themen in der zeitung wir kennen uns schon seit dem sandkasten es war für uns schon als dreijährige klar dass wir füreinander geschaffen sind bei uns gab es nie die probleme des akzeptierens des anderen wie es ab und an vorkommt besonders in reinblütigen familien gab es probleme als sie ihren herrn gewählt haben als antwort funkelte draco den man nur an verstehe gab dieser nur zurück ab und an hatten wir uns ziemlich in den haaren wegen allem möglichen aber er hat niemals die hand gegen mich erhoben oder mir befehle erteilt wir sind absolut gleichberechtigt naja nicht wirklich er ist ein ziemlich schlechter zauberer müssen sie wissen schob er hinterher und zwinkerte draco fröhlich zu wir kannten keine anderen vilas einfach weil es für uns nicht von interesse war gut ab und an sah ich eine beim einkaufen aber ich ignorierte sie meistens wir führen ein kleines geschäft in der winkelgasse wir stellen pergamente her keine gewöhnlichen wie man sie im großhandel bekommt sondern meist sonderanfertigungen wir stellen die blätter für bücher her welche extra für den kunden gedruckt werden aber auch für ru ich weiß wozu man sonderanfertigungen von pergamenten braucht fuhr drecko dazwischen sind sie hier um mir pergamente aufzuquatschen macht ihr vertreter jetzt gefängnisbesuche wieder kicherte gabriel und hob beide hände schon gut dann eben ohne dass ich ihnen etwas verkaufe schade sie scheinen vermögend zu sein neckte er draco welcher nur unwilligt den mund verzog teil 46 es war vor fast zehn jahren vielleicht ein wenig mehr ich weiß es nicht mehr genau kamen wir spät abends aus dem laden und im hinterhof fanden wir eine frau sie blutete zitterte am ganzen körper und sie schien mehrere knochenbrüche erlitten zu haben obwohl sie nicht mehr laufen konnte weigerte sie standhaft einen heiler aufzusuchen deswegen nahmen wir sie mit und teilten ihre wunden als sie ein wenig geschlafen hatte teilte sie uns mit dass sie leila hieß und sie ihren herrn verärgert habe womit wollte sie nicht sagen er habe sie raus geschmissen am nächsten tag wandte ich mich an die auroren welche mir nur mitteilten dass sie keine möglichkeit sehen ihren herrn weder ausfindig zu machen noch ihn dafür zu strafen was er ihr angetan hätte sie wollten nicht einmal mit ihr reden ganz zu schweigen von ihrer aussage damals war das ein mittelschwerer schock für mich weil ich mich nie darum gekümmert habe wie wenig wir eigentlich vor dem gesetz zählen dass wir nicht mehr vor dem gesetz sind als ein 14 jähriger teenager welcher sich an die bestimmungen seiner Eltern zu halten hat aber ich schweife ab da Layla ihr Bann trug spürte ihr her sie noch zwei tagen auf sie ging mit ihm obwohl wir sie eindringlich baten es nichts zu tun und ich habe sie nie mehr wieder gesehen kurz schrieg Draco und musste das Gesagte verdauen sie beide er und Gabriel wussten was für ein Glück sie hatten dass sie an einen Herrn geraten waren welcher und ihnen niemals absichtlich etwas böses wollte warum erzählen sie mir das einfach so um mich rührselig zu machen wollen sie dass ich jetzt anfange zu heulen aber nein wo denken sie denn hin Mr. Malfoy ich habe ihnen das nur erzählt dass sie mein Interesse verstehen nach dieser Nacht habe ich angefangen mich für unsere kleine Rasse zu interessieren wir haben uns dafür interessiert ich kenne die meisten Wilas die in England leben nicht alle wünschen Kontakt aber ich halte die Augen offen immer mal wieder tauchen Wilas vor unserer Tür auf die wenigsten misshandelt die meisten sind einfach nur neugierig auf eine andere Wila und dann koche ich uns einen Tee und wir reden wie ihnen aufgefallen sein dürfte können wir wahrnehmen wenn sich eine andere Wila in früher oder später an unserem Laden vorbei drückte die Nase gegen die Scheibe und kommt dann rein und sind sie jetzt hier weil eigentlich habe ich nur eine Frage waren sie es Dweco verdrehte demonstrativ die Augen aber ja doch weil mir mein netter Herr so auf den Sack geht dachte ich mir dass ich mir einen neuen in Asgaban suche ein Grinsen schlich sie auf Gabriels Gesicht und Dweco dachte krampfhaft nach was er so eben verraten haben könnte dass es den anderen so erfreute also ist die Herr nicht hier drin und ist auch keiner der Wärter schloss er gut gelaunt und Dweco funkelte ihn an sehe ich so aus als ob ich mir einen stinkenden Verbrecher aussuchen würde oder einen von den verlausten Wachen ich zwinge niemanden meine Hilfe auf aber da sie es nicht waren woher wollen sie das denn jetzt schon wieder wissen ich kann gerade auch gelogen haben glauben sie alles was ich sage nur weil ich eine Wieler bin natürlich könnten sie lügen Mr. Malfoy aber sie sind nicht so dumm um eine so große Distanz zwischen sich und ihren Herren zu bringen jede Wieler weiß wie weh es tut wenn der Partner einige Zeit weit entfernt ist und zum zweiten wird er her sie nicht dazu gezwungen haben sonst wären sie ihm entschuldigen sie meine ausdrucksweise aber sie wären ihm scheißegal und er würde sich nicht mehr um sie scheren und sie besuchen kommen Dweco öffnete den Mund schloss ihn wieder sehr Gryffindor haft und knirschte damit den Zähnen sagen sie das mal den Auroren Mr. Gabriel wollen sie meine Hilfe nun zögerte Dweco merklich und wog es ab was es ihm bringen würde wenn der Mann ihm half er machte einen ehrlichen Eindruck die ganzen Vilas schienen die Kinder von ihm und seinem Mann zu sein auch wenn er nicht älter als 40 sein konnte wenn es einen König der Vilas geben würde dann wäre es wahrscheinlich er was würden sie tun nun seufzte Gabriel und ein Schatten huschte über sein Gesicht ich kann eigentlich nicht viel tun zum einen dachte ich mir dass ich ihn ihren Herrn suche und hierher schleife aber sie sind beide unschuldig deswegen überlasse ich es ihn zu entscheiden ob sie ihn nennen oder nicht ich mische mich darin nicht ein zum zweiten den wahren Mörder finden aber ich denke nicht dass ich da viel ausrichten kann ich könnte versuchen andere Fälle raus zu suchen Präzedenzfälle in welchen eine Wieler unschuldig verurteilt wurde aber ich kann ihnen gleich sagen dass es nicht häufig vorkommt dass Wielers grundlos verurteilt werden nein es kommt nie vor die meisten wurden verstoßen und drehten durch und der Rest hat im Auftrag ihres Herrn getötet wobei dann der Herr verurteilt wurde aber Devile hatte den Namen ihres Herrn mit ins Grab genommen wieder zögerte Draco und rutschte ein wenig hin und her Hilfe war natürlich nie schlecht aber er glaubte auch daran was Gabriel sagte er konnte nichts machen und wenn er auf der Suche nach dem Mörder zu sehr herumwühlen würde dann würde er nur früher oder später auf Harry stoßen auch wenn er sich sicher war dass Gabriel gegen Drakos Wunsch niemals Harrys Namen preis geben würde ich habe alles was ich brauche sagte Draco dann das dachte ich mir schon aber trotzdem lasse ich ihnen meine Karte hier er schob Draco eine Visitenkarte auf einem edlen Pergament über den Tisch welche dieser zwischen die Finger nahm ohne einen Blick darauf zu werfen sollten sie oder ihr her etwas brauchen Fragen haben Hilfe benötigen so zögern sie nicht mir eine Eule zu schicken haben sie sonst noch Fragen knapp schüttete Draco den Kopf und Gabriel nickte packte seine Sachen zusammen und hielt Draco dann die Hand hin dieses Mal ergriff Draco sie als Gabriel schon halb durch den Raum war fiel Draco etwas ein sie wissen wer es war oder ohne zu zögern drehte sich die Vila zu ihm und lächelte es wäre doch wirklich traurig wenn ich jetzt nicht innerhalb von einer halben Minute rausgefunden hätte alarmiert blickte Draco ihn an und seine Hände verkrampften sich um die Karte zwischen seinen Fingern keine Sorge Mr. Malfoy nur wer sich wirklich auskennt wird eins und eins zusammen zählen können wie gesagt sie sehen ziemlich gesund aus dafür dass sie schon wie lange drei Tage hier drin sind und ihre besucherliste ist wahrlich nicht sonderlich lang oder also hatte gabriel sich nicht nur zugang nach asgaban verschafft sondern seinen charme oder zauber oder was auch immer dazu genutzt das passwort von dem werter zu erlangen und dann hatte er sich auch noch dracos besucherliste zu gemüte geführt recht hatte er lang war sie nicht inzwischen enthielt sie ganze zwei namen gabriels und den von harry zum nachdenken hatte draco nicht lange zeit denn schon bald wurde er wieder zum gemüseschälen abberufen gehorsam ging er mit setzte sich auf den ihm angewiesenen platz und schielte dieses mal sellerie die zunge hatte er zwischen die zähne geklemmt und mühte sich mit dem gewächs ab und dieses mal hielt er den mund auch als zwei to als er ihn zu beleidigen begann senkte draco nur den kopf noch mal würde er nicht die doppelte menge schälen so kam es dass die beiden die ihn beleidigt hatten sich nach einigen minuten selbst in die haare bekam und draco dann grinsend auf den boden kniete als sie nach draußen geschafft wurden es war eine sehr gute idee gewesen sich ganz an das ende eines der tische zu setzen und schweigend den diesmal roten breit zu essen kein einziges mal sah er hoch als jemand an ihm vorbeiging und er schob sich nur schweigend einen löffel nach den anderen in den mund kaute den brei unnötiger weise durch und schluckte ihn dann hinunter er hörte natürlich die wüsten und derben ausdrücke welche ihm von tot essern sowie von anderen häftlingen liebevoll zugeflüstert wurden er nahm alles hin bis ihn jemand wertloses halbblut nannte er brust hob er den kopf und funkelte den grinsenden tod esser an sein blut egal ob durch die wieler verdorben oder nicht war immer noch reiner als von den meisten anderen die sich ihres angeblichen reinen namens rühmten weh bitte fragte Dweco ruhig der Mann stützte beide Hände auf dem Tisch ab beugte sich nach vorne und sagte dann noch mal ich sagte dass du ein wertloses stinkendes halbblut bist der drang dem Mann ins gesicht zu schlagen wurde fast übermächtig aber Dweco lächelte nur und antwortete ich werde dir eine karte schicken wenn ich wieder hier draußen bin bevorzugst du kätzchen oder doch lieber ein Foto wie ich es deiner Frau besorge den schlag welchen er dafür bekam den hatte er sich verdient vielleicht auch den zweiten aber der dritte war überflüssig während Dweco das blut über sein gesicht laufen spürte war ihm klar wie dumm es gewesen war sich provozieren zu lassen er wehrte sich so gut wie es eben ging wenn man drei Jahre lang nichts anderes gemacht hatte als Kräuter zu schnibbeln und noch blasser zu werden wenn man seine Freizeit damit verbrachte seine Nase in Bücher zu klemmen und hatte daher einem grobschlechtigen Todesser nicht wirklich viel entgegen zu setzen jetzt hatte er einen Feind mehr er hatte alles über sich ergehen lassen jedes noch so hinterhältige Schimpfwort über seine Eltern das Mal auf seinen Arm seinen Namen und seine angeblich nicht vorhandene Bildung aber er ließ sich nicht sagen dass sein Blut nicht rein war natürlich war es das nicht mehr seit sich die Gene aktiviert hatten war er halb Zauberer halb Wieler genauso wie ein Halbblut eben ein halber Zauberer und ein halber Muggel oder ein anderes magisches Wesen war auf einmal stürzte der Todesser welcher ein verwut verzerrtes Gesicht hatte auf ihn und bewegte sich Körperklammerfluch und er schloss resignierend die Augen der Mann wurde von ihm gezerrt und dann hob ein Zauberer auch ihn in die Luft erst als er die lerbende Menge hinter sich nicht mehr genau verstehen konnte weil sich eine Tür geschlossen hatte öffnete er die Augen und sah dass er auf Brusthöhe eines Wärters durch die Luft schwebte dem Wärter der ihn gereinigt hatte die Röte auf die Wangen geschossen so beschränkte er sich darauf sich selber einen Idioten zu schimpfen dass er sich hatte provozieren lassen aber er hatte auf einmal rot gesehen die ganze situation dass er hier in Asgaban einsaß ohne etwas dafür zu können dass Harry ihm nicht helfen konnte und seine Lage so aussichtslos war wie Gabriel sie ihm beschrieben hatte hatte das fast zum Überlaufen gebracht Es hatte ihm gut getan den anderen Mann so zu verhöhnen zu zeigen dass er nicht schwach und hilflos war dass er sich immer noch wehren konnte wenn auch nur verbal Ich sagte dir doch kleiner Malfoy dass du noch sehr oft in der Zelle sitzen wirst Da Dweco dazu verdammt war zu schweigen erwartete der Wärter auch keine Antwort Denn er brachte Dweco tief in die Katakomben unter Azkaban Bulhutsam ließ er Dweco auf den Boden sinken und richtete seinen Zauberstab dann auf dessen Gesicht Die Wunden schlossen sich und der Schmerz verschwand augenblicklich So Der Wärter löste den Fluch von Dweco und bedeutete ihm dann auf zu stehen Sonst noch Schmerzen kleiner Malfoy Knapp schüttelte Dweco den Kopf nachdem er sich aufgerappelt hatte Gut dann wird das für einige Zeit deine Zelle sein So gerade und würdevoll wie Dweco mit blutverschmierten Gesicht und Kleidung konnte wandte er sich zu der Tür trat ein und stieß sich gleich den Kopf Er musste sich bücken um stehen zu können Hinter ihm wurde die Türe zugeschlagen und Dweco umfing Dunkelheit Nicht die Dunkelheit aus seiner Zelle wo er unter der Tür noch das Licht des Ganges sehen konnte und das schwache Glimm der Sterne und des Mondes hatte hier drin sah er nichts probehalber hielt er sich die Hände vor den weit aufgerissenen Augen und seufzte dann laut auf vorsichtig streckte er die Hände nach beiden Seiten aus und stellte dann fest dass er nicht einmal die Arme komplett ausstrecken konnte hier drin würde es ihm nicht möglich sein zu liegen und ließ sich als er nur über glatten fugenlosen Stein fuhr auf den Boden sinken umschloss seine Knie und legte sein Kinn darauf ab kurz dachte er daran wie hier wohl Frischluft reinkam da er keine Ritzen oder sonstiges gefunden hatte aber er war sich sicher dass er hier drin nicht ersticken würde und wenn dann wäre es sicher ein besserer Tod als der welchen ihm Tod er beim Essen zugeflüstert hatten ganz zu schweigen von Crowley der ihm versprochen hatte dass er einem Werter der nichts dagegen hatte seine Macht zu missbrauchen Dracos Zellennummer steckte Draco rutschte ein wenig hin und her ehe er sich mit der Schulter gegen die andere Mauer lehnte und auch sein Kopf dagegen betten konnte die Erschöpfung meldete sich über sein feuchtes Gesicht und spürte das Blut darauf welches er mit dem Ärmel wegwischte bis er sich mehr oder weniger sicher war dass kaum noch etwas davon zurück geblieben war dann zog er seine Beine wieder enger gegen seine Brust legte die Arme locker darum und dachte an Paris dachte an das große bequeme Bett dachte an die süßen Stückchen dachte an das Essen in den teuren Restaurants dachte an die vielen Straßen und dann dachte er an Harry wie dieser morgens zerzaust seinen Kopf aus dem Kissen hob an Harry wie er mit zusammengekniffenen Augenbrauen einen Fleck aus seinem T-Shirt entfernen wollte und ein Loch rein brannte an Harry wie er unter der Dusche stand und sehr schräg einige Muggelsongs zum Besten gab an Harry wie er seine Hand in die von Dracos schob und sich freute wie ein Kleinkind wenn Draco die Hand nicht weg zog an Harry wie er gedankenversunken kleine Kreise mit seinem Zauberstab in die Luft malte an Harry wie er Draco ansah kurz nachdem sie Sex gehabt hatten und an Harry wie er ihn an lächelte Irgendwann wahrscheinlich als er an Harrys nicht sehr musikalisch hochwertige Darstellung unter der Teil 47 Harry Der Angesprochene hob den Kopf vom Sofakissen und sah zu Draco hoch welcher gerade angezogen aus dem Bad trat Er hatte seinen Anzug gereinigt und knöpfte sich gerade das Hemd zu Sofort hing Harrys Augen an seinen Fingern und er sah zu wie Draco die Knöpfe schloss Draco hatte die dunkle Vermutung dass es Harry andersherum sehr viel lieber gewesen wäre aber wenn sie beide so weitermachen würden dann würden sie vor Eiweiß Mangel irgendwann umkippen ganz zu schweigen davon dass Draco sich heute morgen dazu entschlossen hatte einen Heilzauber zu benutzen Harry konnte ziemlich leidenschaftlich sein und auf seiner hellen Haut sah man die Male sofort die bei dem entstanden was Harry mit ihm machte selbst wenn es nie wehtat hm wir sind jetzt vier tage hier und auch wenn ich in allen zaubern wirklich sehr gut bin so werde ich nicht ein hemd zwei tage hintereinander anziehen lacey hatte zwar für ihn gepackt aber nur für ein langes wochenende und inzwischen gegen seine sauberen sachen zu neige draco hatte nicht gefragt aber er ging davon aus dass Harry kurz entschlossen ihren urlaub verlängert hatte zudem vermiete er es zu oft hintereinander dasselbe zu tragen Harry konnte seinetwegen jahrelang das gleiche Oberteil auftragen aber er als Malfoy würde das sicher nicht tun seine sachen flogen nach einem viertel jahr aus seinem kleiderschrank und wurden durch neue ersetzt und durch deine kryptische art willst du mir jetzt was genau sagen fragte Harry entspannt nach und blätterte in seiner zeitung eine seite weiter dweco knurrte unwillig dass der held auch immer alles klar erklärt bekommen musste kein wunder dass die muggel bei welchen er gewohnt hatte ihn gehasst hatten wenn dweco sich vorstellte dass er Harry von jetzt an immer jedes seiner verdammten worte erklären musste wünschte er sich etwas hartes das er nach ihm werfen konnte entweder ich ich nach hause und neue sachen holen oder wir gehen einkaufen nun war es Harry der unwillig zu knurren begann du wirst nicht nach hause reisen weil ich genau weiß dass du dann entweder nicht wieder kommst oder deine halbe bibliothek mitbringst und ich will was von unserem Urlaub haben wie du fängst jetzt an zu motzen mahnte Harry und deutete mit seiner Zeitschrift drohend auf ihn was in Draco den Wunsch auslöste dem helden kindisch die zunge raus zu strecken also werden wir wohl einkaufen gehen trifft sich eigentlich ganz gut weil irgendjemand ich habe ganz vergessen wer meinen halben kleiderschrank ausgedünnt hat so dass ich kaum noch socken habe deine socken haben alle nicht zusammen gepasst aber wenn Draco ehrlich war dann war das die beste möglichkeit die er sich wünschen konnte er würde Harry einkleiden können ihm die lächerlichen t-shirts und jeans wieder aus der hand nehmen und dafür hochwertige hemden reinlegen ich gehe dann nicht rein wiederholte Draco zum x-ten mal und verschränkte die arme vor der brust sie standen vor einem großen kaufhaus und die muggel strömten hinein und hinaus als ob der Laden eine Ameisen hoch buch wäre Harry hatte ihn hierher gelockt wieder hatte er seine verdammten grünen augen eingesetzt und war ihm so nahe gekommen dass Draco geglaubt hatte seinen geruch auf der zunge schmecken zu können in derartigen momenten war Draco sich nicht mehr ganz so sicher wer von ihnen beiden jetzt die verdammte Vila war Harry schien einen natürlichen verfluchten Vila Charme zu besitzen der in Draco den Wunsch auslöste Harry zu küssen und sich an seinen Hals zu schmiegen vielleicht war es ja auch ein ganz mieser Zauber welchen der junge Held einsetzte um das zu bekommen was er wollte verdammter Held mit seinen noch so verdammten grünen Augen und seinem noch viel beschissenerem köstlichen Geruch wenn er ein Vampir wäre dann hätte er Harry sicher schon aufgefressen so wundervoll wie er roch ich denke nicht dass du in Flammen aufgehst neckte Harry ihn gut gelaunt schau mal er schritt durch den Eingang trat wieder hinaus sprang dann hin und her und lachte dabei so übermütig dass ihn die Muggel seltsam von der Seite an starrten und Draco sich nicht sicher war ob er lachen oder doch lieber peinlich berührt eine Hand vor die Augen legen sollte bevor Harry noch mehr Peinlichkeiten als das Rein- und Rausspringen über die Türschwelle bringen konnte packte Draco ihn am Arm und zog ihn in das Innere des Ladens überrascht blieb er stehen und blickte sich um es war angenehm warm und das elektrische Licht verbreitete eine gemütliche Atmosphäre Harry neben ihm kicherte übermütig was fuhr Draco ihn an und löste seine Hand von Harrys Oberarm ich weiß noch sehr genau wie oft du mich veräppelst und ich freue mich nur dass ich dich genauso leicht manipulieren kann Schätzchen während Harrys kleine Ansprache hatten sie sich auf den Weg durch den Laden gemacht und Draco stolperte fast über seine eigenen Füße wie hast du mich eben genannt ich sagte Schätzchen ich denke mir dass ich das öfter benutzen werde bis du mit deinem Baby doll aufhörst weißt du das passt eher zu dir als zu mir immerhin bist du doch mein kleines Wieler Püppchen Fick dich Potter gab Draco zurück konnte aber beim besten Willen keine Verärgerung in sich aufkeimen spüren während Harry weiterging fügte er belustigt hinzu das ist doch mal ein heißer Gedanke wir könnten uns nackt aufs Bett setzen und dem anderen dabei zusehen wie er es sich selber macht auf diese zwei Sätze linste Harry zu Draco welcher ihn verdutzt anstarrte ehe er spürte wie ihm die Röte in die Wangen stieg seit wann war Harry so schlagfertig normalerweise war er es doch der Harry dazu brachte dass ihm das Blut in die Wangen schoss dann Baby Doll müssen wir aber noch ein paar Spielzeuge kaufen gehen denn wenn du es dir nur selber mit der Hand machst macht mich das lange noch nicht heiß er beugte sich ein Stückchen zu Harry runter legte ihm eine Hand auf die Schulter und murmelte ihm zu und stell dir vor wie ich vor dir liege und ein Spielzeug deiner Wahl benutze es langsam in mich einführe und du alles sehen kannst wie angewurzelt blieb Harry stehen und starrte Draco sprachlos an während er sein Pullover deutlich tiefer über seinen Schritt zog und sich dann beeilen musste mit Draco Schritt zu halten welcher von einem bis zum anderen Ohr grinsend weiter gegangen war nun hatte Draco das Ruder wieder in der Hand die Rollen waren wieder klar verteilt er foppte Harry und der war mal wieder bis über beide Ohren erregt zusammen durchquerten sie die Abteilungen fuhren weil Draco der Rolltreppe nicht traute mit dem Aufzug einige Stockwerke nach oben und kümmerten sich beide darum ihre Erektion zu verstecken denn auch wenn Draco gesagt hatte dass es ihn kalt ließ wenn er sich Harry nackt mit einer Hand an seinem Penis vorstellte so löste doch die Villa und wirklich nur die Villa das Verlangen nach mehr in ihm ihrer Landsprache und lächelte sich hilfsbreit an Hilfe suchen sah Harry Draco an und dieser sagte im besten französisch wir brauchen einen komplett neu gefüllten Kleiderschrank für ihn und bitte nur hochwertiges ich will nicht dass er sich in billigen Klamotten auf der Straße zeigt die Verkäuferin schien zu verstehen denn sie lächelte Draco breit an sah wohl schon eine fette Provision auf Dracos Maßkleidung bemerkt hatte und führte die beiden in die Männer Abteilung mit den wirklich hochwertigen Marken auch Harry fiel das sofort auf nachdem er sich das Preisschild eines T-Shirts genauer zu Gemüte geführt hatte man ist das teuer Draco antwortete nicht und gab der Verkäuferin zu verstehen dass sie nichts weiter bräuchten und sich an sie wenden würden sollten sie nicht weiter kommen wenn du jetzt anfängst zu heulen dann lasse ich dich hier mahnte Draco Harry und verschränkte die Arme vor der Brust und jetzt such dir deine schrecklichen Muggelsachen heraus dass wir hier wieder raus kommen sonst werde ich den Gestank nie wieder aus meiner Zauberer Kleidung bekommen wenigstens sehen die Sachen halbwegs gut aus und was ist mit dir fragte Harry nach während er schlechter Witz nun verzog Harry kurz den Mund und begann dann sich Kleidung heraus zu suchen sie fanden schnell eine Möglichkeit die Harry davor schützte dass Draco seine Sachen wieder verbrannte Harry suchte alles heraus was ihm gefiel und Draco nickte es dann ab oder schüttelte schlicht den Kopf aber das hier ist doch echt schön versuchte Harry Draco bei einem Pullover zu überreden gespielt genervt strich sich Draco über die Stirn ich werde alles was mir nicht passt einfach wieder verbrennen also willst du es kaufen dass ich es in einem unbeobachteten Moment deinerseits in Flammen aufgehen lasse mochend hatte Harry klein beigegeben und war dann mit einem wachsenden Stapel an Hosen Oberteilen und sogar Schuhen durch die Abteilung gestreift nach einer guten Stunde hatte Harry alles was er brauchte um seinen Schrank wieder vollständig aufzufüllen und du fragte Harry wieder als er den Haufen an der Kasse ablud Anprobe war nicht wirklich notwendig da er sich die Kleider wenn nötig mit ich lasse mir meine Sachen schneidern danke der Nachfrage läufst du eigentlich immer so rum ich meine auch zu Hause fragte Harry nach und deutete unbestimmt auf Dracos Hose und dann auf das Hemd und das Jackett welches er darüber trug ja natürlich du würdigst dich selber wenn du dich jeden Morgen zurecht machst Harry biss sich nachdenklich auf die Unterlippe wie wäre es wenn du es mal versuchen würdest eine teure gut sitzende Jeans und ein Pullover würden dir sicher stehen nein aber du hast es doch nicht einmal versucht zieh es doch wenigstens einmal an nein langsam kam Harry mit einem wissenden Grinsen auf den Lippen näher er schien sehr genau zu wissen wie berauschend seine Nähe auf Draco wirkte und Draco wusste es auch deswegen machte er einen Schritt zurück und hielt den Atem an Draco zieh es einmal an für mich wenn es dir da nicht gefällt kaufen wir es nicht aber wenn wir zusammen unterwegs sind werden wir immer mal wieder unter Muggel gehen einfach weil du nicht willst dass das jemand mit uns heraus findet und dann wäre es wohl besser wenn du nicht in deinen Anzügen herum läufst Muggel in unserem Alter tragen eher sowas hier ziellos hob Harry ein T-Shirt hoch und ließ es wieder fallen ohne hinzuschauen ich dachte dass wir mal ein Muggel Lokal ausprobieren könnten davon gibt es einige wirklich hochwertige sie werden dir gefallen aber dafür musst du eben mal in eine Jeans und ein Pullover schlüpfen während Harry versuchte ihn zu überreden hat er sich ein wenig auf Draco hatte zwangsläufig einatmen müssen ehe er Harry leise anknurrte ein Outfit nur eines zu stimmend hatte Harry genickt und Draco hatte seine Hände in seinen Hosentaschen vergraben und war dem Held gefolgt welcher sich sogleich daran machte einige T-Shirts und Hosen herauszusuchen die haben Löcher stellte Draco schlicht fest als Harry ihm eine verwaschene abgerubbelte Jeans hielt das muss so das muss nicht so sein ich zahle doch nicht einen Haufen Gold dafür dass jemand das schon mal an hatte oder das sieht so aus als ob sie schon mal jemand angehabt hätte gepär ich mach das selber kritisch musterte er das T-Shirt das Harry für ihn herausgesucht hatte und hatte einfach keine Ahnung warum er das tragen sollte auf dem Palm Beach Miami stand er war noch nie in Miami gewesen ganz zu schweigen davon dass er zwar das Meer und den Strand gesehen hatte aber ganz sicher noch keine Palm Beach Er nahm Harry das T-Shirt wieder ab und warf es achtlos auf den Haufen mit den sauber gefalteten zurück Schlussendlich hatte Draco eine sehr kleine Auswahl an Oberbekleidung von einfachen dünnen T-Shirts über Pullover und einer Jacke bis hin zu drei Jeans die nicht aussahen als ob sie nicht zu oft und zu lange zusammen mit Steinen gewaschen worden waren Draco musste seine Kleidung allerdings anprobieren und so fand er sich in einer Umkleide wieder welche er als erstes magisch vergrößerte so dass sie gut drei auf drei Meter Maß ehe er sich seine Sachen einfach anzauberte ohne sich mühselig ausziehen zu müssen er hatte eine schlichte blaue Jeans und ein dunkelblaues Shirt an auf welchem sehr klischee mäßig ein Totenkopf gedruckt war er selber fand der Umkleide nur mit Harrys Reaktion hatte er nicht gerechnet wow Draco du siehst fantastisch aus leck mich Potter nein wirklich du siehst wirklich gut aus Teil 48 die provisionsgeile Verkäuferin trat zu Draco und reichte ihm eine hellbraune Lederjacke die würde sicherlich gut dazu passen Dracos Finger fuhren kurz prüfend über das Leder befanden es als hochwertig genug er zog sie sich über und blickte dann durch den Spiegel zu Harry welcher grinste und dann begeistert nickte ähnlich verhielt er sich mit dem nächsten Outfit dieses Mal eine knielange hell cremefarbene Sommerhose und dazu ein stichtes Shirt auf welchem nun anstatt eines lächerlichen Adlers eine Schlange prangte Draco würde es auch in Muggelkleidung nicht tolerieren dass das Wappentier von Ravenclaw auf seiner Brust zu sehen war das sieht wirklich gut aus sagte Harry erneut und lächelte ihm aufmunternd zu während Draco sein Spiegelbild so düster musterte dass er sich sicher war dass der Spiegel schon die ersten Sprünge aufwies als er wieder in der Umkleide stand und den Pullover musterte welchen er sich ausgesucht hatte raschelte es hinter ihm sich und blickte sich um und dann zu Draco ein Erweiterungszauber auf die Idee bin ich nicht gekommen du hast das Zeug ja auch gekauft ohne es anzuprobieren was willst du oh ja richtig habe ich vergessen aber ich merke es mir wenn ich mal wieder was anprobiere wir sind Zauberer wir müssen nichts anprobieren was willst du stell dir mal vor ich hätte das alles anziehen müssen und dann hätte was nicht gepasst dann hätte ich eine andere Größe gebraucht wir wären noch nicht mal bei der Hälfte meiner Klamotten angekommen wie ich eben sagte ein Glück dass wir Zauberer sind was willst du ja das mit dem Zauberer sein ist echt praktisch nun verschränkte Draco die Arme vor der Brust und zog eine Augenbraue hoch wodurch Harry nun auch den Mund hielt und näher zu Draco trat unsicher streckte er eine Hand aus und strich Draco langsam über Brust und Bauch es steht dir wirklich gut weißt du was willst oh Dracos Blick war auf die deutliche Beule in Harry Schritt gefallen er begann zu grinsen diese Erektion streichelte sein Ego gerade so dermaßen dass er fast schnurrte als er weiter fragte so gut also nervös leckte Harry sich die Lippen und kam dann näher auf ihn zu noch besser er griff Draco bestimmt in den Nacken zog ihn zu sich herunter und küsste ihn liebevoll knabberte er an Dracos Unterlippe bis dieser seine Lippen öffnete und Harry leicht den Mund zu einem Lächeln verzog als nun auch Draco seine Arme um Harry schlang die Küsse blieben auch bei Draco nicht ohne Folgen und jetzt willst du mich hier drin etwa vögeln flüsterte er gegen Harrys Mund dieser antwortete ihm nicht sondern öffnete mit fliegenden Fingern Dracos Hose und ließ seine Hand darin verschwinden leise wimmerte Draco an Harrys Lippen auf und lehnte dann seine Stirn gegen die von Harry fass mich an bat Harry nach einer halben Minute in welcher seine Hand sanft aber doch mit Druck über Dracos Erektion fuhr wie ihr wünscht her neckte Draco ihn Harry hatte ihm nichts befohlen aber er konnte deutlich hören dass auch der kleine Held sich Erleichterung erhoffte Harry klammerte sich mit einer Hand an Draco fest dieser stützte Harry und klammerte sich seinerseits an ihm fest weil seine Knie sich anfühlten als ob sie ihn nicht mehr lange tragen würden Draco keuchte Harry gegen seinen Mund und sofort drückte ihm dieser einen ziemlich bestimmenden Kuss auf die Lippen weil er genau hörte dass Harry nicht mehr lange brauchen würde und er wollte nicht dass die Verkäuferin ihn hörte und er behielt recht ein wenig vielleicht denn nicht nur Harry keuchte vernehmlich sondern auch Draco konnte sich ein Stöhnen nicht verkneifen als er einige Augenblicke vor Harry kam außer Atem blickten sie sich an grinsten dann beide ein wenig beschämt und erregt ehe Harry ihn zu sich zog und ihn noch einmal lange küsste während Draco sie beide säuberte das war lustig sagte Harry als er sich wieder angezogen hatte und sich auf einen Stuhl sinken ließ um Draco dabei zuzusehen wie er die restlichen Sachen anprobierte Draco stockte kurz und blickte Harry an lustig würde er das hier nicht bezeichnen aber das war eines dieser Worte die in so einer Situation nur Harry einfallen konnten auch wenn er manchmal ein wenig sehr langsam und vertrottelt war und ein unberechtigtes Vertrauen in die Welt hatte so glaubte Draco inzwischen trotzdem dass er sich vielleicht in ihn verlieben könnte irgendwann einmal kleiner Mayfoy Draco zuckte zusammen als die Türe seiner Zelle geöffnet wurde und er hob rasch die Hände vor sein Gesicht als ihn das helle Licht in die Augen traf er versuchte sich aufzurappeln während seine verkrampften Muskeln empört aufschrien und er durch seine tränenden Augen kaum etwas sehen konnte eine helfende Hand schloss sich um seinen Oberarm der Werte half ihm aufzustehen und zog ihn dann hinaus wie spät ist es fragte Draco mit kratziger Stimme räusperte sich hustete und spürte erst jetzt was für ein Durst er hatte 17 Uhr langsam gewöhnten Dracos Augen sich an die schummrige Beleuchtung ich war nur vier Stunden da drin fragte er überrascht nach während der Werte ihm wieder die Fesseln an zauberte und sich langsam mit ihm auf den Weg hinaus aus den Katakomben machte er wusste dass es ungefähr 13 Uhr gewesen sein musste als er in die Zelle gesteckt worden war weil er sich kurz nach dem Mittagessen mit dem Todesser angelegt hatte nein kleiner Malfoy 28 Stunden wie bitte fragte Draco verdutzt nach und hustete schon wieder er hatte quälenden Durst und nun hörte er auch seinen Magen knurren du wurdest gestern in die Zelle gesteckt alle Gefangenen verlieren darin wahnsinnig schnell das Zeitgefühl aber du hast dich gut gehalten die meisten bekommen nach wenigen Stunden Panik und wir müssen sie da wieder rausholen kurz wunderte Draco sich darüber dass er nicht aufs Klo musste und sich wohl auch nicht eingepinkelt hatte aber er würde sich nicht die Blöße geben und nachfragen was auf einmal aufging dass sie ihn nicht in seine Zelle brachten sondern zu dem Verhörraum führten wer will heute was von mir fragte Draco und schüttelte dann den Oberarm der Werther verstand und ließ ihn umgehend los du hast mal wieder eine Fragerunde mit einem Auroren wenn ich das richtig mitbekommen habe welchen Auroren der Werther stieß eine Tür auf und führte ihn in den Raum in welchem Harry schon saß und ihn entgegensah sein Blick huschte über Dracos Äußeres und er öffnete den Mund Draco schüttelte kaum merklich den Kopf und Harry schloss ihn wieder aber Draco sah sehr genau wie er die Zähne zusammen biss da er an seinen Wangen sehen konnte wie sich der Kieferknochen deutlich unter der Haut abzeichnete was ist passiert fragte Harry sofort als der Werther Draco auf dem Stuhl absetzte und den Raum verlassen hatte hast du schon gesagt dass du keine Mitschrift möchtest kleiner Auro Harry haspelte seinen Namen seinen Rang und das Passwort so schnell herunter dass er sich versprach die Schultern straffte und dann nochmal konzentriert von vorne begann dann blickte Draco wartend an gar nicht ein Glas Wasser haben fragte dieser ihn nur und spürte in diesem Moment wie müde er war eigentlich lächerlich da er 28 Stunden geschlafen hatte vielleicht hatte er aber auch nur mit offenen Augen vor sich hingeträumt Draco musste leicht lächeln als er Harry zusah wie er durch den Raum ging und Draco einen Plastik Becher mit Wasser aus einem Krug füllte Harry trug eines der Oberteile welche sie zusammen in Paris gekauft hatten es stand ihm unheimlich gut und Draco lobte sich für seine Wahl mit großen Schritten brachte Harry ihm den Becher zog dann seinen Umhang aus und legte ihn Draco um die Schultern seine Finger strichen Draco sanft über Hals und Kinn während dieser durstig den Becher leerte und dann ist passiert fragte Harry dann wieder und Draco konnte nicht anders als seinen Kopf nach hinten gegen Harrys Bauch sinken zu lassen er fühlte sich zerschlagen ich habe mich mit einem Todesser angelegt und die Wärter brauchten einfach ihre Zeit ehe sie uns auseinander gezogen haben Draco fuhr Harry ihn aufgebracht an kam in Dracos Sichtfeld stützte seine Hände auf dem Tisch ab und funkelte ihn an du siehst aus als ob du sehr viele Treppen runter gestoßen worden wärst verdammt viele ein wenig musste Draco darüber grinsen dann sagte er fest was willst du hören dass es mir leid tut tut es aber nicht der Typ ist ein verdammtes Arschloch gewesen ich musste etwas sagen Draco begehrte Harry auf so geht das nicht weiter ich werde ihnen sagen wer ich bin ein tiefes seufzen stich sich über Dracos Lippen halt den Mund Potter ich will nicht darüber streiten wer was wann wie sagt du musst wahrscheinlich gleich wieder weg also erzähl mir dass du Fortschritte gemacht hast und wenn du sie nicht vorzuweisen hast dann bitte ich dich dass du mir was Nettes von deinen Freunden erzählst etwas woran ich heute nach denken kann wenn ich in meinem kann dass es Leute gibt die noch so viel beschissener dran sind als ich ich will nicht die wenige Zeit die wir haben damit verbringen dass du mir Pseudomöglichkeiten vorlegst die ich dann zerschlage und wir am Ende wieder feststellen dass ich recht habe Draco ich will dir nur helfen erzähl mir mehr davon wie ihr bei den Spinnen gewesen seid und was für ein Schiss die kleine Ratte gehabt hat fuhr Draco ungerührt fort und bring mir noch etwas zu trinken vielleicht bilde ich es mir ein aber ich habe den Eindruck dass das Wasser von hier besser schmeckt als das was ich zu trinken bekomme Draco sah sehr wohl wie Harry mit sich rang ehe er alles was er sagen wollte runters schluckte und Dacos Wunsch nach kam indem er ihm einen Becher Männer begann Harry und kratzte sich am Hals warum fragte Draco nach und schlang den warmen Umhang enger um die Schultern ich weiß es nicht ich war so deprimiert weil sich eine Spur im Sand verlaufen hat dein Kollege hatte Geld Probleme er hat schlicht mehr ausgegeben als er hatte ich bin der Sache nachgegangen und hatte die Hoffnung dass der Mann bei dem er sich Geld geliehen hatte etwas damit zu tun hat aber nachdem ich ihn sehr hilflich befragt habe kam heraus dass er nichts wusste hilflich befragt fragte Draco nach vielleicht habe ich ein kleines bisschen Veritaserum in seinen Kaffee geschüttet gestand Harry ein und strich sich grinsend durch sein Haar der kleine Auror der den Brief von meiner Mutter gelesen hat um zu verhindern dass wir wieder unerlaubterweise ein Wahrheitsserum in den Kaffee gekippt was reißt denn da ein hilflos zuckte Harry mit den Schultern und fiel dann in Dracos Lachen ein ich färbe auf dich ab stellte Draco fest als sie sich nur noch angrinsten möglich auf jeden Fall weiche Männer ich wusste nicht dass du eine Katze hast sie heißt Jumenta sie ist ein Rindvieh sagte Harry schlicht wieder musste Draco lachen und als Harry nach dem Grund fragte winkte Draco gut gelaunt ab seit er hier bei Harry war ging es ihm viel besser sehr viel besser alle schienen ein bisschen weniger bedrohlich zu sein und wenn Harry nicht seine Aurorenkleidung tragen würde dann könnte Draco sich einbilden dass sie bei Harry zu Hause waren und sein hesslicher Elf gleich Essen auftragen würde was hat sie gemacht sie hat mir ins bein gebissen dann begann Draco schallend zu lachen und wischte sich eine lachträne aus den augen Harrys hand schloss sich um die von Draco als dieser ruhiger wurde und Harry ansehen konnte ohne geluchsen zu müssen kurz hielten sie Blickkontakt dann sagte Draco mit fester Stimme hol mich hier raus Harry auch Harrys Ausdruck wurde wieder ernster ich werde alles tun was in meiner Macht steht um den Mörder zu finden danke flüsterte Draco langsam hob Harry die Hand und strich ihm sanft von der Schläfe über die Wange ehe Draco seinen Kopf in Harrys Handfläche drückte und kurz die Augen schloss du bist meine Wieler und meine Aufgabe ist es doch dich zu beschützen oder dann machst du deine Aufgabe aber echt beschissen zog Draco Harry auf und öffnete die Augen um ihn anzusehen als Antwort strichen Harrys Finger sanft über seinen Handrücken was willst du als erstes machen wenn du hier raus bist ich will ein Schaumband nehmen den teuersten Wein nähren den das Männer zu bieten hat und dazu Steak essen ich werde sehen was ich tun kann liebevoll küsste Harry ihn kurz und setzte sich dann auf seinen Stuhl er begann Draco einige Anekdoten über seine Freunde zu erzählen während er die ganze Zeit über Dracos Hand hielt und mit dem Daumen kleine Kreise auf seine fahle Haut malte Teil 49 Harry hatte ihm mit dem Versprechen alleine gelassen dass er nach zwei Tagen spätestens wiederkommen würde zum Abschied hatte er Draco den Mantel abgenommen und war ihm dann wieder mit den Fingern über Hals und Wange gefahren Ehe er vor ihm in die Knie gegangen und ihn noch einmal kurz geküsst hatte Wir schaffen das hatte Harry festgestellt und Draco hatte den befehlenden Unterton gehört Überrascht hatte er eine Augenbraue gehoben War das jetzt ein Befehl Mit einem Grinsen auf den Lippen hatte Harry genickt Wenn es bei dir wirkt dann wirkt es vielleicht auch bei mir Kurz war er still gewesen und er hatte nachgedacht Dann hatte er mit den Schultern gezuckt Ich spüre nichts und du Oh ich kann sehr wohl unterscheiden wenn du Müll von dir gibst und wann du es ernst meinst Draco saß alleine in seiner Zelle und sah dem Himmel draußen zu wie er immer dunkler wurde bis der schmale Tür spalt die einzig übrig gebliebene Lichtquelle war Zwei Tage In zwei Tagen würde Harry wieder kommen Das hieß er musste nur den morgigen Tag überstehen Dann würde er Harry wieder sehen Dieses Mal hoffentlich mit besseren Neuigkeiten als denen das Dumenta ihn gebissen hatte Als es so dunkel war dass Draco kaum noch etwas erkennen konnte Er schien neben seinem Bett ein Tablett mit Wasser und etwas das Draco als Nudel Auflauf zu identifizieren glaubte Er trank das Glas aus und aß den kompletten Teller leer ehe er die Beine anzog die Decke umschlang und sich darauf einstellte die Nacht über wieder keinen Schlaf finden zu können Er behielt mit dieser Vermutung recht Bei jedem noch so kleinen Geräusch schreckte er zusammen starrte seine Zellentür an als ob er sie durch pure Willenskraft davon abhalten könnte aufzugehen und jemanden herein zu lassen Seinen Magen hatte er ganz gut im Griff auch wenn er manchmal das Gefühl hatte dass sich eine eiskalte Hand um seine Lungen legte sobald er Bewegung vor der Tür sah oder nur vermutete Es dämmerte und Dureko seufzte erleichtert auf Er wartete noch das Frühstück ab welches er komplett aufaß auch wenn er sich zwischen jedem Bissen überlegte dass es sich einfach nicht lohnte diesen Fraß zu essen da er den Eindruck hatte dass sich sein Magen aus Prinzip dieser minderwertigen Kost verschloss und es am liebsten die Toilette runter gespült sehen würde oder auf dem Boden auf welchem Dureko einen Stepptanz aufführen sollte Mit der Decke um sich geschlungen stief er mit vollem wenn auch rebellierenden Magen ein um die durchwachte Nacht aufzuholen Dureko meinst du dass ich mir die Haare schneiden lassen soll mühsam hob Dureko den Kopf aus dem Kissen und stürzte ihn damit einem Arm ab während er sich dem nackten Helden Harry lag ausgestreckt neben ihm auf der zerwühlten Bettdecke und seine Brust hob und senkte sich immer noch schnell ich war nicht der Klassen und Jahrgangs Beste dass ich mich jetzt um deine Zotteln kümmern muss Zweitbester meines Wissens war Hermine immer ein wenig besser als du Nun funkelte Dureko Harry an welcher sich durch die Haare fuhr und anfing zu schielen weil er die schwarzen Haarspitzen eines der Kissen und schlug es Harry einmal ins Gesicht wo er es dann losließ sie hat bei allen Näher an den Schlammblutbonus bekommen weil sie ihnen so leid tat ich dachte sie wäre auch bei Snape besser gewesen gab Harry zurück und zog sie das Kissen vom Gesicht nur dass Dureko ihm gleich ein zweites darauf donnern konnte klappe oder es war das letzte Mal dass du meinen Prachtkörper mit Schweiß und Sperma besudeln durftest auch dieses Kissen zog Harry sich vom Gesicht und grinste Draco dann nur breit an soll ich sie mir nun schneiden lassen oder nicht theatralisch seufzte Draco auf und setzte sich dann in Schneidersitz aufs Bett er hob eine Hand bewegte sie kurz und nickte dann fertig überrascht rappelte sich nun Harry auf griff sich seinen Stab und ließ den Badezimmerspiegel zu sich fliegen er griff ihn sich aus der Luft blickte hinein und Draco begann wie ein Schulmädchen zu kichern als Harry den Mund aufklappte und er seine Finger in rosa Haare schob er löste den Blick vom Spiegel verengte die Augen und richtete seinen Stab dann auf Draco das bekommst du zurück bevor Draco sich wehren oder schützen konnte traf ihn ein Spruch und er spürte das kribbeln des Zaubers auf seinem Kopf sofort entriss er Harry den Spiegel welcher so lachen musste dass er ihm fast aus den Fingern glitt und betrachtete sich vorsichtig seine hellblonden Haare waren verschwunden dafür zielte nun eine blaue Feder Pracht seinen Kopf er als er sah dass sich sein Kamm aufstellte außer einem Harry du brachte er nichts heraus weil er sich selber nicht mehr halten konnte und hilflos den Spiegel sinken lassen musste um sich wieder in den Griff zu bekommen während Harry noch damit beschäftigt war nicht aus dem Bett zu fallen griff Draco sich Harry starb deutete mit zitternden Spitzen auf ihn und zauberte Harry in eine schwarze lange robe und verwandelte seine Haare wieder zurück langsam fing Harry sich wieder und betrachtete sein neues Outfit was soll das fragte er als er wohl den Witz dahinter nicht verstand gelassen winkte Draco ab und verwandelte sich und Harry wieder zurück wobei er Harry ganz nebenbei eine anständige Frisur verpasste sein frisch durchgerammelt Look hatte etwas aber Draco war nicht scharf darauf dass Harry immer so aussah nach Sex sollte Harry nur aussehen wenn sie zusammen im Bett lagen diesen Anblick hatte sonst niemand verdient in der Schule ging das Gerücht rum dass Snape und deine Mutter was miteinander gehabt hätten und ich meine mit den schwarzen Haaren hätte das durchaus sein können solche Gerüchte gab es natürlich mein Lieblingsgerücht war dass du Voldemords Sohn bist und nur du ihn deswegen töten kannst weil das gleiche Blut in euren Adern fließt obwohl mein allerliebstes Gerücht war dass du was mit Filch am laufen hast so oft wie du bei ihm nachsitzen musstest lass mich raten du durchtriebener Slytherin du hast das Gerücht in die Welt gesetzt ja aber leider hat das nicht sehr lange gehalten Harry lachte laut auf und schüttelte den Kopf ehe er sich mit beiden Händen durch die Haare fuhr und Draco dann anlächelte ich denke dass ich für diese Verleumdungen eine Wiedergutmachung verdient habe meinst du nicht auch kurz zögerte Draco und rutschte dann auf Harrys Hüfte an was hättest du denn da gedacht fragte er nach und begann sanft an Harrys Hals zu knabbern und genoss den leichten Schauer der sich dabei über Harrys Körper zog keine Ahnung aber ich denke dass du ruhig da oben sitzen bleiben kannst kleiner Malfoy auf einen Schlag wurde Draco von dem weichen Bett und Harrys Nähe zurück in die Zelle gerissen er blickte auf sah einen grinsenden Wärter in der Tür stehen welcher seinen Zauberstab lässig durch die Luft schwang aufstehen die Arbeit ruft schweigend erfüllte Draco die Aufgabe die ihm aufgetragen wurde er schilte verbissen die Kartoffeln sah nicht nach rechts und links und schon gar nicht nach oben vor ihm saß die Wieler die ihn die ganze Zeit anstarrte als ob sie auf etwas warten würde ein geheimnis signal oder sonst etwas aber Draco ignorierte sie noch schlimmer als eine Wieler mit einem dunklen Mahl zu sein war eine Wieler zu sein die mit der anderen bekloppten Wieler abhing zum Mittagessen gab es wieder einen seltsamen Brei welchen Draco alleine und so weit von den anderen Gefangenen entfernt wie nur möglich aß Er ließ die gehässigen Kommentare über sich ergehen ignorierte dass er mit Absicht angestoßen wurde aber als ihm jemand ins Essen spuckte legte er schlicht den Löffel weg und sah sich dann Rudolfus der Strange gegenüber Auf einmal hatte Draco das dringende Verlangen dem Mann das Tablett ins Gesicht zu schlagen aber er wusste was ihm dafür blühen würde Noch einmal wollte er seine Zeit nicht in der winzigen Zelle verbringen Auch wenn es ihm bisher nicht geschadet hatte so war er sich doch ziemlich sicher dass man über kurz oder lang einen ziemlichen psychischen Schaden davontragen konnte wenn man alleine in der Dunkelheit saß Rudolfus sagte Draco deswegen schlicht und griff nach seinem Tablett ruhig erhob er sich um es weg zu tragen und damit den anderen Gefangenen auf sein Stockwerk gebracht zu werden eigentlich war ihm klar dass etwas fieses kommen musste denn als er auf der Höhe des Todessers war stellte dieser ihm ein Bein Draco geriet ins Straucheln und schlug der Länge nach hin der Brei spritzte ihm ins Gesicht und seine Knie brannten von dem heftigen Sturz hinter sich hörte er Rudolfus und andere tot erhöhende schlachen während er versuchte wieder auf die Beine zu kommen aber ein Fuß welcher ihm in den Rücken gerahmt wurde stieß ihn wieder auf den Boden zurück ruckartig wurde ihm die Luft aus den Lungen gepresst und er verbot es sich selbst zu wimmern eine Hand wurde ihm in den Nacken geschoben und das Oberteil straff nach unten gezerrt also doch eine verfickte kleine Wieler Hure stellte jemand hinter ihm fest und der Sprecher oder ein anderer Todesser drückte gegen die Platte in seinem Nacken so dass es sich anfühlte als ob die Nadel in seinem Kopf zu glühen begann nun wimmerte Draco auf was habe ich dir wehgetan Miststück wieder wurde gegen seinen Nacken gedrückt und in Dracos Augen sammelten sich stumme Tränen während er die Fäuste ballte und sich heftig auf die Zunge biss um sich nicht zu bewegen und nichts zu sagen irgendwann würde es ein Wächter sehen und dann würde er wieder in seine Zelle kommen und Harry kam morgen wieder verzweifelt dachte er an ihn wünschte sich den Anhänger mit welchen er Harry rufen konnte dass er ihm half er wusste selber wie kindisch es war aber bis jetzt hatte Harry sich immer vor ihn gestellt und geschützt wo war der Held weil man ihn einmal brauchte wer ist dein Herr Draco vor wem gehst du auf alle viere und bittest ihm deinen Hintern an dass er dich fickt von wem ist Lucius Malfoys so die kleine willige schlampe geworden fragte Rudolfus ihn nun und Draco hielt die Luft an weil der Mann der eine Hand in seine Haare geschoben hatte seinen Kopf nach oben zwang aus dem Mund stank dass ihm ganz übel wurde Draco schwieg verbissen bis sich jemand anderes einzumischen begann er wird es nicht sagen Lestrange er wird gar nichts sagen aber ich habe mal eine Vila gefangen ein echtes Püppchen und sie hat geheult und geschrien als ich ihr zu nahe kam faselte etwas von nur einem Herrn was glaubt ihr passiert wenn ich das hier mache eine Hand schob sich über Dracos Rücken zu seinem Po und sofort krampfte er sich vor Panik zusammen langsam wurden die Finger über den Stoff gezogen bis sie verschwanden um dann unter dem Gummiband zu schlüpfen Fingernägel wurden ihm in die Haut gerammt und quälend langsam nach oben gezogen er spürte dass er strieben bekam wenn er nicht sogar blutete Dracos hörte sich selber wie ein getretenes Tier winseln so das reicht ihr habt gezeigt dass ihr hier die bösesten seid jetzt haut ab und reicht euch ein wird's bald der Fuß von Dracos Rücken verschwand und nachdem Draco zweimal tief durchgearmet hatte um seinen Magen zu beruhigen stand er auf er richtete sich die Hose und blickte dann die Wache an welche einen Narren an ihm gefressen zu haben schien er war es gewesen der ihn gereinigt und in die Zelle gesperrt den Tablett weg und dann mach dass du in deine Reihe kommst Draco verbot sich sich weder hier noch in seiner Zelle zu übergeben Teil 50 nachdem er wieder die Nacht mit offenen Augen und steigender Angst unter seiner feuchten Decke verbracht hatte kam der Morgen und damit der Tag an dem Harry ihn wieder besuchen würde fast schon beschwingt als Draco sein Frühstück nahm sich dann Hamel welchen er mit ein wenig Speichel benetzt hatte das Gesicht zu putzen knippelte die Essensreste von seinem Oberteil und fuhr sich immer wieder durch die Haare er fühlte sich wie vor seinem ersten Date und schallte sich selber einen Idioten aber das zufriedene Gefühl wollte nicht weichen kleiner Malfoy sofort erhob Draco sich als eine Wache seine Tür öffnete Besuch fragte Draco begierig wieso erwartest du jemanden du scheinst dein Date mit einem Berg Gemüse vergessen zu haben über Dracos Gesichtsausdruck begann die Wache zu lachen und schüttelte dann den Kopf auf geht's schweigend schielte Draco den Berg Gemüse so schnell und so gründlich wie er nur konnte um möglichst rasch wieder in seine Zelle zu kommen aber als die Zellentür wieder geöffnet wurde er nur zum Mittagessen gerufen welches er ohne größere Zwischenfälle essen konnte von den üblichen halblauten Beleidigungen abgesehen als es draußen zu dämmern begann asked Draco sein Abendessen und starte danach wagen die Tür an Harry hatte versprochen zu kommen aber als das Licht gelöscht wurde und der erste Schatten wieder an der Tür vorbeistrich wurde Draco klar dass Harry nicht kam er versuchte die Enttäuschung die diese Erkenntnis in ihm auslöste herunter zu schlucken sicherlich müsste er länger arbeiten und Harry hatte keinen plausiblen Grund um ihn zu besuchen immerhin konnte selbst Harry und dann noch als Aura nicht lustig wie er war immer wieder nach Asgaban kommen die dritte Möglichkeit zog Draco erst am nächsten Abend in Betracht als er mit einem zähnlichen Pfeilchen auf seiner Matratze saß er wusste nicht ob der Schlag wirklich ihm gegolten hatte aber er schien einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein als sich einige Häftlinge entschieden hatten dass sie sich gegenseitig aufs Maul geben wollten nach dem Schlag ins Gesicht war Draco unter einem Tisch abgetaucht und erst wieder heraus gekommen als fast alle der Gefangenen gefesselt auf den Boden gelegen hatten nervös rieb er sich über die Stirn und spürte langsam Schmerzen aufkommen etwas saß hinter seiner Stirn und begann langsam zu kratzen warum kam er nicht er war jetzt einen ganzen Tag zu spät dass er gestern nicht kommen konnte verstand Draco aber warum kam er nicht einfach heute warum dachte er sich nicht einfach eine lüge aus um wenigstens kurz her zu kommen und die Schmerzen von ihm zu nehmen warum machte er erst so große Versprechungen küsste ihn sogar zweimal nur um da nicht mehr aufzutauchen war es ihm doch zu viel geworden hatte er jetzt doch die Chance ergriffen und sich abgesetzt was gäbe es besseres als Draco in Azkaban verrotten zu lassen und selbst wenn Draco Harrys Namen nennen würde so würde er unter Veritaserum aussagen und dann wieder seiner Wege gehen hatte sich etwa die Kröte wieder in Harrys Leben eingeschlichen war er gerade bei ihr bebend schlang sich Draco die Decke um seine Schultern und starrte das Licht an welches unter der Tür durchsickerte in dieser Nacht gelang es ihm nicht Azkaban ein wenig aus seinen Geist zu verdrängen denn wann immer er an Harry dachte sah er ihn zusammen mit der Kröte am Tisch sitzen und zu Abend essen so wie er die beiden überrascht hatte als er die Tränke für die Kröte geliefert hatte so wie sie es immer noch tun würde wenn die Kröte keine Panikattacke gehabt und kopflos Tränke bestellt hätte als der Morgen anbrach musterte Draco sein Frühstück wandte sich dann auf die andere Seite und schloss die Augen sein Kopf schmerzte und diese Pampe würde er nicht herunter zwingen können Tag vier war der schlimmste er hatte Kopf Schmerzen welche er nicht mit Tränken bekämpfen konnte und als er mittags gezwungen war etwas zu sich zu nehmen wurde ihm so schlecht dass er mehrmals sein Erbrochenes wieder herunterschlucken musste um sich nicht auf sein Tablett zu übergeben und so wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerutscht wäre danach saß er allein in seiner Zelle und sah den Wassertropfen zu welche sich an der Decke sammelten und dann entlang der Außenwände hinabliefen oder in eine Fitze topften vor vier Tagen hatte er Harry das letzte Mal gesehen der folgende Tag ohne Harry war abgesprochen gewesen aber nun ging dieser Tag zu Neige und von Harry keine Spur kleiner Malfoy Draco hob den Kopf und blinzelte in das helle Licht du hast Besuch ein unglaubliches Glücksgefühl weihte in Draco hoch und er taumelte aus dem Bett ließ sich die Fesseln anbringen und dann rannte er die Wache fast um so scharf auf einen auroren kleiner Malfoy du bist der Erste der nicht widerstreben zu denen geht kurz überlegte Draco sich ob er sich zügeln oder erklären sollte aber die Aussicht Harry wieder zu sehen trieb ihn an nervös stand er neben den Wärter der die Tür öffnete und er atmete tief ein als er eintat nur um wieder bitter enttäuscht zu werden An dem Tisch saß nicht Harry sondern das Schlammblut welches ihm entgegen blickte Seine Schultern sackten zusammen und er ließ sich zu dem Stuhl führen auf welchem er mit einem Zauber fixiert wurde Hermine Jane Granger Ministeriumsarbeiterin Stufe 5 Passwort 7G57 Alpha 99021 Pi 0 A Omega Heilbutt Keine Mitschrift erwünscht Nicht dein verfickter Ernst Granger Stieß Draco hervor Das ist das beschissenste Passwort das ich je gehört habe Aber was kann dir als Schlammblut auch anderes einfallen Fuhr er sie an und wusste wie ungerecht das war Sie konnte nichts dafür dass er in Asgaban saß und genauso wenig konnte sie etwas dafür dass Harry nicht mehr kam dass er alleine war Auch dir einen guten Tag Malfoy gab sie ungerührt zurück Ich sehe dass du dich den Bedingungen hier angepasst hast Dein Ausdruck lässt zu wünschen übrig Fick dich Halbblut giftete er nur zurück Was willst du Mal gucken wie es mir geht mir geht es prima und jetzt verpiss dich wieder Schlammblut überkreuzte die Arme und lehnte sich zurück Bist du dann fertig Draco konnte nicht anders Er war so maßlos enttäuscht von Harry Selbst wenn sie eine Nachricht von ihm hatte konnte es die Schmerzen und die Angst nicht wieder gut machen Zudem konnte er so eine mögliche schlechte Nachricht hinaus zögern Vielleicht hatte Harry sich entschieden dass er das Schlammblut vorschicken würde dass diese ihm eine Trennung schonend beibrachte Also zeigte er ihr den Mittelfinger Sehr erwachsen Keifte sie ihn nur an wühlte in ihrer Tasche und knallte ihm zwei Violen auf den Tisch Austrinken Was ist das? Gift Blutsperma? Langsam schien es den Schlammblut zu reichen denn sie schloss die Augen atmete tief durch um sich wohl selber zur Ruhe ermahnen und fuhr dann fort Ein Stärkungstrank und ein Trank gegen deine Kopfschmerzen welche du haben solltest um dein Benehmen zu entschuldigen Ich habe keine Schmerzen fauchte Dweco gleich zurück Dann verpasse ich dir gleich welche wenn du nicht sofort damit aufhörst Wie du schon passend bemerkt hast stamme ich von Muggeln ab Also weiß ich immer noch wie man jemanden auf die gute alte Muggelart eins auf die Nase gibt und jetzt trinkt das endlich fuhr sie ihn erwost an und Dweco wunderte sich eine Sekunde wie sie mit dem dämlichen Harry und der hohlen Ratte überlebt hatte Wenn es nicht mehr anders ging hatte sie sie wohl rund gemacht bis die beiden Jungen wieder gespurt waren Sofort widerwillig streckte Dweco die Hand danach aus musterte den Inhalt roch kurz an der Flasche und trank sie dann aus nachdem er den Stärkungs- und den Schmerzländen Trank erkannt hatte Augenblicklich durchlief ihm ein Schauder und die Schmerzen hinter seiner Stirn wurden merklich dumpfer bis sie ganz verschwanden Der Stärkungstrank jagte durch seine Wehen und er spürte wie er neue Kraft bekam und die schlaflosen Nächte aus seinen Gliedern gedrängt wurden Wo ist Harry? fragte Dweco dann als das Schlammblut ihn finster musterte und nichts mehr sagte Er ist in Russland Sie jagen eine Gruppe von verdächtigen Zauberern durch das ganze Land Er schrieb mir eine Eule dass er dich nicht besuchen kann und dass ich dir die Tränke bringen soll Er wird hierher kommen sobald er wieder zurück ist Verschiedenste Emotionen überfluteten Dwecos Geist der jetzt nicht mehr nur mit den Schmerzen beschäftigt war aber die stärkste war eindeutig die Erleichterung Harry hatte ihn hier nicht vergessen er konnte nicht herkommen und dann hatte er sogar seiner Freundin Bescheid gegeben dass sie sich um ihn kümmerte ehrliche Zuneigung fallte in ihm für den jungen Helden auf dem es sicherlich nicht gestattet war einfach so Eulen in einem Einsatz zu verschicken diese Eule kommt drei Tage zu spät wäre es nicht deine Aufgabe gewesen ihm beizubringen dass man sich zeitnah meldet wenn man es zu einem Treffen nicht schafft da er angeblich keine Eltern hatte die ihm das hätten eintrichtern können gelassen zuckte Schlammblut die Schultern und verstaute die leeren Filioni in ihrer Tasche wenn ich das so verbockt habe dann ist es nun wohl an dir ihm das beizubringen hat er geschrieben wie lange es noch dauern wird fragte Draco nur nach und überging die Aussage von Granger er meinte zwei Tage vielleicht mehr vielleicht weniger brauchst du sonst noch was? knapp schüttete Draco den Kopf und sah ihr zu wie sie sich nach einer kurzen Verabschiedung abwandte um zu gehen danke flüsterte Draco noch und er wusste dass sie es gehört hatte denn kurz blieb Granger stehen dann ging sie weiter und verließ den Raum Teil 51 es ging ihm gut nicht perfekt und schon gar nicht prickelnd aber er konnte wieder klar denken und selbst das Abendessen sah vielversprechend aus gut gelaunt aß Draco alles auf und legte sich dann auf die fleckige Matratze auch wenn er es nicht wirklich glaubte so hatte er den Eindruck dass es ihm viel besser ging seit er wusste dass Harry wiederkommen würde so schnell wie nur möglich drei Tage lang in Unwissenheit zu schweben zollten ihren Tribut ein wenig musste Draco grinsen als ihm die Augen zufielen und er einschlummerte die Vila schien sich wirklich beruhigt zu haben selbst sie verstand warum sie und ihr Gegenstück so lange getrennt sein mussten orientierungslos wachte Draco auf und blinzelte in das helle Licht welches vom Gang in die Zelle fiel eine Gestalt stand im Türrahmen trat dann ein und die Türe fiel wieder zurück ins Schloss schlaftrunken setzte er sich auf wusste nicht ob er das nur geträumt hatte bis ihn eine Hand fest am Kinn packte und ein leuchtender Zauberstab ihm mitten ins Gesicht gehalten wurde so dass er die Augen fest zusammenpressen musste Crowley hat nicht gelogen du bist eine wahre Schönheit und mit einem Schlag war Draco hellwach er versuchte sich von den Fingern zu befreien die sein Kinn hielten doch er wurde nur noch fester gepackt und so jung sprach der Werther weiter dessen Stimme Draco nicht identifizieren konnte der Stab mit dem Licht bewegte sich vor ihm hin und her und Draco spürte den Zauber welcher auf ihn gelegt wurde seine Haut wurde gereinigt und sein Haar kurz durcheinander gewirbelt ehe sie gewaschen und gekämmt in seinen Augen hing besser stellte der Mann fest und trat dann ein Stück zurück das Licht bewegte sich wieder und kleine leuchtende Bälle stiegen in die Luft blieben kurz unter der Decke hängen und erhellten die Zelle in einem fast schon romantischen Licht Draco sah sich einem Mann Mitte 40 gegenüber welcher sich über die Lippen leckte und dessen Hände nervös den Zauberstab hin und her bewegten das Hemd des Werthers spannte ein wenig über den Bauch und wenn man sich die langsam ergrauten Haare wegdachte sah er nicht schlecht aus wenn nur nicht dieser gierige Glanz in seinen Augen wäre milde überrascht dass er nicht in blinde Panik verfiel straffte Draco den Rücken ein wenig er hatte die letzten Nächte kein Auge zugetan weil er genau vor dieser Situation Angst hatte und nun hockte er auf der dünnen Matratze unter welcher er den Lattenrost fühlen konnte und seine Vila schwieg vielleicht weil sie beide wussten wie aussichtslos diese Situation war und dass sie sich weder mit Magie noch mit körperlicher Stärke gegen den Mann wehren konnten als ob der Mann Dracos Gedanken lesen konnte sagte er mit belegter Stimme steh auf widerspruchslos kam Draco auf die Füße streckte sein Kinn ein Stückchen nach vorne und blickte den Werther herausfordernd an dieser musterte ihn noch einmal von Kopf bis Fuß während sich seine leere Hand zu seinem Schrittstahl und dort über die sich abzeichnende Erektionsstrich dreh dich um und leg die Hände hinter den Rücken langsam drehte Draco sich um und verschränkte seine Finger miteinander dünne Seile schlagen sich um seine Handgelenke wickelten sich dann an den Unterarm entlang nach oben und zogen sich ruckartig zusammen so dass Draco kurz aufächzte als seine Schulter nach hinten gebogen wurde schau mich an kam der nächste Befehl kurz überlegte Draco ob er schreien oder um Hilfe rufen sollte aber wenn der Werther das hier öfter machte dann hatte er sicher die passenden Zauber parat um entweder Draco den Mund zu verbieten oder den Raum schalldicht zu isolieren gehorsam wandte Draco sich wieder zurück und betrachtete den Mann welcher seine Hose geöffnet hatte mit fleckigem rotem Gesicht seinen steifen Penis in der Hand hielt und an diesem hoch und runter fuhr er biss sich auf die Unterlippe als er seinen Stab wiederhob und mit einem Zauber die Knöpfe von Dracos grau-schwarzen Gefängnisoberteil löste ehe er auf ihn zutrat und das ihn mit der Spitze seines Stabes langsam auseinanderschob Draco folgte dem Zauberstab des Mannes mit den Augen und blickte ihn dann wieder an er musste ein wenig zu ihm hochsehen aber sehr viel größer als er war er nicht diese Narben woher sind sie? fragte der Wärter löste die Hand von seinem Penis und strich langsam über die Verletzungen die Harry ihm zugefügt hatte einmal blinzelte Draco schluckte aber heftig als er Galle im Mund schmeckte und regte sich ansonsten nicht warum sagst du denn nichts? ich werde dir nichts tun Kleiner ich will nur ein wenig Spaß ich auch sagte Draco mit einer so festen und ruhigen Stimme was ihn selber erstaunte er spürte immer noch keine Panik oder Angst er fürchtete sich nicht einmal die ganzen Emotionen schienen eiskalter Berechnung gewichen zu sein auch wenn die Wila sich immer noch vor einer Entehrung und dem Verstoßenwerden von Harrys Seite fürchtete so spürte er doch wie sie sich in ihm anspannte wie auch er selbst sich anspannte auf den kleinsten Fehler des Mannes wartete um sich auf ihn zu stürzen und ihn zu seinen Gunsten zu verwenden überrascht blickte der Wärter ihn an ehe er mit einem Finger Dracos Kiefer nachfuhr so jung stellte er dann noch einmal fest er leckte sich nervös über die Lippen fuhr sich dann wieder mit einer Hand über seine Erektion und sagte dann mit Verlust bebender Stimme Knie dich hin Dracos Kopf lief auf Hochtouren wie er diese Vergewaltigung denn es war nichts anderes entkommen konnte langsam ging Draco in die Knie spürte wie er eine dünne Eisschicht einer Pfütze durchbrach und kaltes Wasser gegen seine Haut schwappte du mach den Mund auf keuchte der Mann über ihm und Draco sah sich der Erektion des Mannes gegenüber ihm wurde übel als er den Geruch des Anderen wahrnahm es roch falsch es war nicht Harry trotzdem zwang er sich die Lippen zu öffnen und schon drängte sich eine warme Eichel dazwischen Draco ballte die Hände hinter seinem Rücken zu Fäusten und erschloss die Augen während er den Geschmack des Anderen auf seiner Zunge hatte er hörte das leise Ausatmen des Mannes spürte das Wasser an seinen Schienbeinen und wie die Fesseln sich heftig in seine Haut bohrten ehe er zu biss Blut füllte seinen Mund und er zog den Kopf zurück nun konnte er den Brechreiz nicht mehr unterdrücken und übergab sich keuchend auf den Boden neben sich während der Wärter vor Schmerzen schrie er stolperte haltlos durch die Zelle hatte seinen Penis mit einer Hand umschlossen und zwischen seinen Fingern tropfte das Blut auf den Boden Draco blünzelte einige Tränen aus seinen Augen holte schleppern tief Luft roch das Blut an seinem Gesicht dann beugte er sich wieder nach vorne und er brach sich erneut auf den Boden zu seinen Knien ehe er wieder hochblickte und gerade noch sah wie der Wärter seinen Zauberstab auf sein Genital richtete und einen Zauberspruch nach den anderen murmelte hektisch wischte er sich die Tränen aus seinem Gesicht ehe er sich von der Wand abstieß gegen welche er gestolpert war und sich nun mit Wut und Hass verzerrten Gesicht Draco zuwandte ich bring dich um brüllte er Draco an versuch's stieß Draco hervor und rappelte sich so schnell wie nur möglich vom Boden hoch der Mann packte ihn am Kragen stieß ihm schmerzhaft gegen die kalte Wand und Draco grinste ihn an bring mich um und mein Herr wird dich finden und dich ausweiden er wird dich aufschlitzen deine Gedärme an einen Baum nageln und dich dann um den Stamm laufen lassen ich werde dich auch finden denn sei dir sicher dass ich als Geist wiederkehre und ein erbärmliches Leben zur Hölle machen werde höhnte Draco und spuckte dem Mann ins Gesicht eine Faust krachte auf Dracos Wange und er stöhnte leise auf ehe der nächste Schlag folgte Draco krümmte sich zusammen als er in den Magen getreten oder geschlagen wurde dann stürzte er auf die Knie und konnte gerade noch den Kopf heben um zu sehen dass der Werder sich daran zu erinnern schien dass er ein Zauberer war denn er hob mit zitternder Hand seinen Stab und sprach den ersten Zauber unter welchem Draco heiser aufschrie die Tür fiel scheppernd hinter ihm zu und Draco öffnete probehalber die Augen viel sehen konnte er nicht da der Scheißkerl einen Brandzauber auf sein Gesicht geschleudert hatte langsam fuhr Draco sich mit der Zunge über die Zähne und stellte fest dass sie alle noch da und intakt waren ehe er leise kichern musste am liebsten hätte er über sich selber den Kopf geschüttelt sein ganzer Körper war überzogen mit blauen Flecken Blutergüssen und Schnitten ganz zu schweigen davon dass der ein oder andere Knochen mit Sicherheit nicht mehr in einem Stück war und er lag hier blutend auf dem Boden und kontrollierte ob er noch sein strahlendes Lächeln hatte welches er ja so oft und gerne zeigte langsam erstarb sein Lachen und Draco schloss müde die Augen um die Ohrmacht willkommen zu heißen die sich über seinen Geist legte Teil 52 der Sog der Apparation verschwand und Harry stolperte über den feuchten matschigen Boden ehe er sich fangen konnte nach all den Jahren konnte er immer noch nicht sicher auf beiden Füßen landen ihm war sogar jetzt noch immer ein wenig übel reflexartig wollte er sich die Haare zurückstreichen welche ihm sonst immer in den Augen hing aber Draco hatte sie ihm sehr viel kürzer geschnitten oder gezaubert oder was auch immer er getan hatte so dass sie nicht immer gewollt wie er aussahen nicht nur ungepflegt und ungekämmt sondern er hatte diesen Wuschellook wie ihn manche von den Muggeln trugen Draco hatte ein echtes Händchen bewiesen als Hermine Harry nach dem Kurzurlaub gesehen hatte hatte sie nur gelacht und dann gemeint dass er wirklich gut aussehen würde auch wenn die Haare die Blitznarbe nun nicht mehr verstecken würden Harry hatte sich gefragt ob ihn das störte aber vielleicht war es an der Zeit dass er dazu stand wer er war und was er getan hatte nicht dass er jetzt anfangen würde damit hausieren zu gehen aber die meisten Mitarbeiter im Ministerium wussten wer er war und brauchten dazu nicht die Narbe zu sehen das Meer um die kleine Gefängnisinsel tobte und die Gischt spritzte so hoch dass ihm die Wassertropfen ins Gesicht trafen er zog seinen Umhang enger um die Schultern und ein Schauer lief ihn über den Rücken während er sich in fast vollkommener Dunkelheit auf den Weg zu den Toren machte wie immer spürte er das leichte Prickeln das durch die magischen Schranken entstand die um Asgaban gelegt waren das Ministerium hatte dazugelernt und verließ sich nicht einfach mehr rein auf die Abgeschiedenheit dieses Ortes die Sonne war nur noch hinter dem Horizont zu erahnen Harry rutschte aus als er sich nach ihr umdrehte schlingerte kurz und fing sich dann wieder kurz straffte er die Schultern wie er es bei Dwecku gesehen hatte wenn er vor einer Aufgabe Aussprache oder sonst etwas stand die ihm unangenehm war immer lief dieser kleine Ruck durch seinen Körper ehe er etwas sagte das ihn bloßstellen könnte ob es Dwecku auffiel wusste Harry nicht aber es war eine kleine Bewegung die Dwecku menschlicher machte manchmal wirkte er so steif und leblos bedacht auf jedes Wort das er sagte als ob er im wahrsten Sinne des Wortes einen Stock verschluckt hätte er schien es verlernt zu haben wie man sich in der Gegenwart von anderen Menschen benahm oder seine Freunde waren auch alle so stocksteif fast wäre Harry mit dem großen Tor kollidiert welches plötzlich aus der Dunkelheit vor ihm erschien Unruh klopfte er mit dem Zauberstab gegen die Tür und wartete während er von einem Fuß auf den anderen trat und dann die steilen Außenwände Asgabans hinaufblickte wo genau Dweckos Zelle war wusste er nicht er wusste nur dass er so spät dran war dass die Wärter wahrscheinlich bestochen werden mussten dass sie ihn zu Draco vorließen aber dann spendierte er einem der Wächter eben eine Kleinigkeit hast du mal auf die Uhr geschaut? schnauzte ihn ein Wärter an der seinen Kopf durch das Tor steckte komm morgen wieder! ungerührt hielt Harry ihm seine Dienstmarke vor die Nase sein Rang öffnete ihm normalerweise sehr viele Türen und wenn es der Rang nicht war dann sein Name der unter der großen Zwei stand mir egal! knurrte der Wärter und schlug ihm die Tür mit einem Scheppern vor der Nase zu sodass Harry die Stimme des Mannes nur noch gedämpft hören konnte komm morgen wieder die laufen dir nicht weg! perplex starrte Harry die geschlossene Tür an ehe er die Zähne zusammen biss er klopfte noch einmal wartete klopfte erneut und fuhr damit seinem Stab durch die Luft hör mir mal gut zu! brüllte er gegen das Tosen der Meer an ich komme gerade aus Russland wo ich verdammt viele Tage hinter Todessern her war und kaum hatten wir sie haben sie gesungen wie Kanarienvögel einen Augenblick überlegte er ob der Mann wusste was das für Tiere waren aber schlussendlich war es ihm auch egal sollte er es eben aus dem Kontext erschließen ich habe nicht viel geschlafen und von dem bisschen Schlaf den ich abbekommen habe habe ich Rückenschmerzen ich will nach Hause und muss nur eine Aussage kontrollieren indem ich allen eurer Gefangenen eine Frage stelle also macht diese verdammte Tür auf dass ich nach Hause in die Badewanne komme das war alles schlichtweg gelogen sie hatten die Todesser erwischt aber diese hatten bisher keinen Ton gesagt zudem waren es nur kleine unwichtige Fische alle ohne das Todessermal die mit einer Geldstrafe davon kommen würden der hinter dem sie her gewesen waren hatte sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht und seine Lakaien den Aroren zur Ablenkung vorgeworfen aber das musste der Wärter nicht wissen er schien ihn auch nicht zu interessieren denn die Tür wurde nicht einmal geöffnet ich glaube es nicht knurrte Harry sich selber leise zu er hatte Draco versprochen nach zwei Tagen wieder zu kommen er hatte als es klar geworden war dass Harry zu ihm gehörte oder ihre Leben nur miteinander auf die eine oder andere Weise verbunden waren die Wieler Bücher überflogen und das meiste wieder vergessen weil es teilweise eben nur Legenden waren die in den meisten Büchern standen und es ihn langweilte weil er die schönen Reihen Wielers aus den Büchern partout nicht mit dem Stinkstiefel Draco zusammenbringen konnte natürlich hatte er sich die Bücher genauer zu Gemüte geführt als Ginny aufgelöst zu ihm kam und ihm berichtete dass sie ihre Regeln nicht mehr bekommen hatte er hatte die entsprechenden Kapitel die Nacht über studiert um herauszufinden was mit Draco passieren würde wenn er sich von ihm trennte um mit Ginny und dem ungeborenen Kind zusammen zu kommen aber die Bücher waren an dieser Stelle extrem schwammig gewesen und nachdem Draco ihm auf eine unvergleichliche nette Art zu verstehen gegeben hatte dass es ihm gut gehen würde hatte Harry nicht weiter nachgebohrt einen Umstand der ihn dazu gebracht hatte erst von Hermine dann von Fleur und dann netterweise noch einmal von Bill zusammengefaltet zu werden danach hatte er sich fest vorgenommen die Bücher zu lesen jedes einzelne jedes Wort und er hatte den Großteil nicht verstanden er selber fühlte sich nicht dumm aber er war auch nicht unbedingt belesen anstatt über ein Buch zu brüten so wie Hermine und Velcro es taten flog er lieber mit seinem Besen sah Fernsehen oder traf sich mit Ron der genauso wie er mit Büchern nicht sonderlich viel anfangen konnte Harry hatte angefangen die Bücher zu lesen und immer wenn er auf etwas stieß das er nicht verstand hatte er es markiert doch ziemlich schnell war mehr markiert als unmarkiert als Harry dann auf eine Seite blickte in der nur ein Wort nicht markiert war hatte er die Bücher zugeschlagen und war zu Fleur appariert sie hatte eine erstaunliche Ruhe besessen und mit ihm all seine Fragen geklärt bis sie an den Punkt gekommen waren wo sie ihn angelächelt hatte und nur sagte dass er das Draco fragen müsse es gab eben einige Unterschiede zwischen den einzelnen Velas Bill konnte einen Monat weg sein und Fleur ging es prächtig sie hatte es die innere Sicherheit genannt dass sie es spüren konnte dass alles gut war und auf Harrys Frage hin warum Draco noch zwei Tagen Schmerzen bekam hatte sie den Kopf nur schiefgelegt und ihn angestarrt er war sich wie bei einem Test bei Snape vorgekommen bei dem er die Antwort nicht wusste sie hatte gesäufzt und ihm dann ruhig erklärt dass Harry sich nicht sicher war was das zwischen ihm und seiner Wieler war dass Draco das wusste oder eben spürte und er deswegen immer in der Angst leben musste dass Harry einfach wieder verschwand Harry hatte versucht sich zu verteidigen er versucht klar zu machen wie schwierig es manchmal mit Draco war wie gemein und verletzend er sein konnte wie Draco sich standhaft jeglicher Nähe verweigerte wie oft er die romantischen Augenblicke torpedierte oh Fleur war an die Decke gegangen ihr Geduldsfaden war in diesem Moment wohl unsanft gerissen sie hatte ihn zusammengestaucht und ihn angefahren ob er überhaupt etwas verstanden habe dass Draco unbewusst oder bewusst so war wie Harry ihn haben wollte dass er sich so mies verhielt um Harry die Entscheidung zu erleichtern dass sie eben noch kein Paar waren weil Harry mit Draco nicht zusammen sein wollte dass Draco ihn belog wenn es um die Schmerzen ging um es Harry einfacher zu machen ihn zu hassen und ein glückliches Leben mit Ginny führen zu können dass er die romantischen Augenblicke zerstörte so dass Harry es nicht machen musste wenn es ihm zu viel wurde dass Draco ihn nur dann lieben konnte wenn auch Harry es endlich zuließe sie hatte ihn auf Französisch beschimpft ihn mit einigen unschönen Namen bedacht ehe sie ihn aus ihrem Haus geschmissen hatte mit der Auflage nicht so ein homophober Salut zu sein und sich endlich zu seiner Vila zu bekennen insgeheim hatte er Fleur recht gegeben als er und Draco in Paris gewesen waren Draco konnte still sein nachdenklich und wenn Harry vorsichtig war dann öffnete Draco sich sogar so weit dass Harry bemerkte wie verletzlich er war wie er kämpfte und mit sich rang um den bescheidenen Platz in der Gesellschaft halten zu können was für eine Angst es ihm machte dass Harry ihn von sich stoßen könnte und sein Leben dann nach wenigen Wochen zu Ende sein würde und als sie einmal zusammen im Bett lagen und Draco sich zögerlich als Harry schon fast eingeschlafen war an ihn geschmiegt hatte war Harry langsam aufgegangen dass er die Schritte machen musste sie waren wie ein Tanzpaar und er war derjenige der führte erst wenn er sich bewegen würde dann würde er es Draco auch tun und bei jedem Schritt den Harry tat egal in welche Richtung zog er Draco mit sich Harry hatte sich von ihm trennen wollen und Draco war ihm auf diesem Weg gefolgt er hatte Harrys Aussage akzeptiert und sich dann wie ein Salü benommen und Harry war so unglaublich sauer auf Draco gewesen für seine Widerlichkeiten seine kalte Art und dass er keine Sekunde lang gekämpft hatte dass er nachts neben Ginny im Bett gelegen und wütend mit den Zähnen geknirscht hatte als er an ihn gedacht hatte und jetzt stand er hier wenige Meter von seiner Wieler entfernt der er mit seiner bloßen Gegenwart Linderung verschaffen konnte und kam nicht durch ein lächerliches Holztor wütenkniff Harry die Augen zusammen holte tief Luft und brüllte dann ich Harry James Potter werde diese Tür jetzt aufsprengen wenn ihr mich nicht zu dem Verdächtigen lasst den ich sprechen muss und danach könnt ihr euch gleich eine Zelle aussuchen wenn ich euch wegen Behinderung der Justiz drankriegen werde Teil 53 ganz sicher war Harry sich nicht ob es das auch bei den Auroren gab da die Zauberer die sie befragten eigentlich immer spurten aber er ging doch stark davon aus dass sich die Zauberer so etwas in der Art von den Muggeln abgeschaut hatten normalerweise vermied er es als der Harry Potter erkannt zu werden aber manchmal war es dann doch ganz nützlich wenn er die Heldenkarte ausspielen konnte die Tür vor ihm wurde aufgerissen und der Werther leuchtete mit seinem Stab in Harrys Richtung seine Augen weiteten sich kurz und er trat beiseite dass Harry eintreten konnte tut mir leid Mr. Potter ich habe es nicht erkannt hm machte Harry nur ich will zu Draco Malfoy ein Schatten huscht über das Gesicht des Mannes und Harry knifft die Augen zusammen bei Gott hoffentlich hatte es Draco nicht wieder geschafft sich mit seiner vorlauten Klappe in Probleme zu manövrieren wahrscheinlich saß er mal wieder in einer dieser dunklen Zellen welche zu gerne bei renitentem Verhalten angewendet wurde ich bringe den Gefangenen zu ihnen in den Verhörraum wenn sie mir bitte folgen wollen um ihren Zauberstab abzugeben und sich einzutragen machen sie sich keine Mühe ich will nur kurz zu ihm in die Zelle ihn fragen ob es stimmt was die Todesser erzählt haben er sagt ja oder nein und ich bin wieder weg spielte es Harry herunter wie lange würde es dauern wenn wir jetzt die ganzen Formalitäten erledigen sie mich in den Raum führen dann den Gefangenen holen er ja oder nein sagt und sie ihn dann wieder zurückbringen müssen nachdem sie mich rausbegleitet haben unsicher blickte der Wärter ihn von oben an und kniff kurz die Lippen zusammen damit verstoße ich aber gegen die direkten Vorschriften von Azkaban und ich will nach Hause wenn sie also das hier Harry zog eine Handvoll Gold aus seiner Hosentasche und ließ es ungezählt in die Hand des Mannes sinken annehmen würden dass ich mich endlich duschen kann die Augen des Mannes glänzten im Schein ihrer Zauberstäbe und der Fackeln an der Wand ich will sie natürlich nicht von ihrer sicherlich wohlverdienten Dusche abhalten Mr. Potter gab er zurück und schob die Hand mit dem Gold in seine Hosentasche wenn sie mir dann folgen wollen zusammen ging sie durch die kalten modrigen Gänge und Harry schlang sich seinen Umhang enger um die Schultern als er eine Pfütze ausweichen musste und ein eisiger Wind durch den Gang fegte wenn er bisher hierher gekommen war so hatten sie ihn immer durch die Besuchergänge geführt klar es war kalt und klamm aber es gab elektrisches Licht oder etwas das Harry dafür hielt sie hatten ihn in den Besucherraum geführt in welchem Harry auf Draco gewartet hatte während er einen Kaffee getrunken und sich manchmal mit den Wärtern ausgetauscht hatte er hatte sich Asgaban als schlimmen Ort vorgestellt aber nicht so furchtbar wie er sich gerade in diesem Moment eröffnete kalt, zügig, dunkel und feucht sie hielten vor einer Tür und Draco sah im Schal in ihrer Stäbe Dracos Namen neben dem Eingang stehen der Wärter vollführte eine komplizierte Bewegung mit seinem Stab und die Tür sprang auf schon wollte Harry an ihm vorbeidrängen aber der Wärter hielt ihn auf ein Augenblick Mr. Potter er schwang seinen Stab wieder durch die Luft und langsam erhellte sich die Zelle mit schwachem Licht Harry konnte die Umrisse eines Klos erkennen und einer Pritsche die an der Wand befestigt war er musste die Augen zusammenkneifen aber er glaubte Draco darauf ausmachen zu können welcher mit angezogenen Beinen und den Händen hinter seinem Rücken in ihre Richtung lag wieder schwang der Aufseher sein Stab durch die Luft und ein Ruck ging durch seinen Körper der auf dem Bett oder was hier in Asgaban als Bett verkauft wurde schlief oder rute und zwei Ketten schlagen sich um Dracos Handgelenke ehe er an diesen aus dem Bett gerissen wurde und hart auf dem Boden aufkam Harry hörte keinen Schmerzeslaut als Draco unbarmherzig über den Boden geschleift wurde und er sich dann aufrappelte als die Kette seine Arme nach oben zehrte da seine Handgelenke nach oben gezogen wurden blieb Draco nichts anderes übrig als den Oberkörper vorzubeugen um zu vermeiden dass ihm der Zug die Schultern auskugelte fassungslos starrte Harry die Zähne vor sich an die sicher nicht länger als zwei Sekunden gedauert hatte Besuch kleiner Malfoy da schien sich Harry aus seiner Starre zu lösen er stieß den Mann beiseite der einen halb erstaunten halb wütenden Laut von sich gab und betrat die Zelle mit nur einem großen Schritt stand er neben Draco und hob die Hand zog sich aber dann zurück nahm seinen Zauberstab und durchtrennte die Ketten die Draco in diese Position zwang ungläubig sah er wie Draco leicht strauchelte sich nicht halten konnte ganz langsam anfing nach vorne zu kippen und Harry ihn mit beiden Armen auffangen musste behutsam ließ er ihn auf den Boden sinken und sein Blick huschte über Dracos Rücken blieb an den Fesseln hängen die sich in seine Haut gegraben hatten blutig zog sich der Draht welcher als grausame Fessel diente über Dracos Arme und schnitt ihm so tief ins Fleisch dass sich mittlerweile feine Blutrinsale gebildet hatten Harrys Hand zitterte als er mit einem Zauberstabschlenker die Fesseln löste und Draco nun wimmerte als seine Schultern frei waren und sie nach vorne sanken so langsam und vorsichtig wie Harry nur konnte drehte er Draco auf den Rücken stürzte seinen Kopf und erstarrte als er Dracos zerschlagenes und blutverkrustetes Gesicht sah panisch bewegte er seinen Stab über Dracos Körper er schuf eine Diagnosekugel welche einmal über Dracos Körper flitzte und dann in einem warnenden orangefarbenen Ton leuchtend neben Harry in der Luft hängen blieb ein Heiler sofort rief Harry über die Schulter Mr. Potter der überlebt das schon und wenn nicht dann haben wir eben ein Todesser weniger wird keinen kümmern als er den Kopf so schnell drehte dass er seine eigenen Nackenmuskeln protestierend aufschreien hören konnte schien der Mann etwas in seinem Gesicht zu sehen was ihn bleich werden ließ denn er wandte sich um ließ die Tür weit geöffnet und hastete den Gang hinunter unsicher mahnte Harry kleine Kreise mit seinem Stab in die Luft dann begann er alle Halsprüche zu sprechen die ihm einfielen er heilte die gebrochene Nase die Wunden im Gesicht die oberflächlichen Schnitte und Schürfwunden und zog Dracos Oberkörper dann von dem kalten Boden zu sich hoch langsam schlug Draco die Augen auf und schien sich kurz orientieren zu müssen dann fiel sein Blick auf Harry und er lächelte sanft der Wunsch Draco in den Arm zu nehmen und nie wieder loszulassen wurde fast übermächtig und Harry hob seine Hand in seinen Nacken um ihn besser stützen zu können augenblicklich riss Draco die Augen auf sein Blick wurde ganz stumpf und er starrte blind an Harry vorbei er gab einen Schmerzenslaut von sich der sich anhörte als würde ihm jemand wieder und wieder in die gleiche Wunde bohren und er konnte einfach keine anderen Laute mehr von sich geben als dieses leise, klagende Wimmern Harry spürte das warme Blut welches ihm über die Hand lief und sofort giff er mit der anderen Hand hinterher stürzte Dracos Kopf und fuhr mit den Fingern über Dracos Nacken er tastete dort eine kleine Platte oder Scheibe unter welcher das Blut hervorsieg hatte wieder jammerte Draco gequält auf und Harry zog die Hand sofort weg behutsam flang er die Arme um Dracos Körper legte seinen Mantel über ihn und Draco schloss wieder die Augen was ist passiert? flüsterte er Draco zu als ob er ihn verschrecken könnte wenn er zu laut mit ihm sprechen würde ich bin die Treppe runtergefallen und sie hat verdammt viele Stufen wiederholte Draco Harrys Worte als dieser ihn gefragt hatte was passiert war und ihm vorgeworfen hatte dass Draco so aussah als sei ein Treppenhaus heruntergestürzt worden was? hauchte Harry fassungslos und Draco öffnete die Augen wieder sah zu ihm hoch und grinste ein wenig schief die Treppen sind gefährlich du musst sie im Auge behalten Potter ein Lächeln schloss sich auf Harrys Lippen und bevor er sich zurückhalten konnte kicherte er leise vor sich hin sein Lachen wurde von den Wänden verzerrt zurückgeworfen und hörte sich gespenstisch an es war so abstrus er Harry Potter hockte mit einem zusammengeschlagenen Draco Malfoy in Asgaban auf einem feuchten Boden und drückte ihn liebevoll an sich während er leise vor sich hin lachte das war er gewesen der entscheidende Moment der Moment in dem Harry Potter sich in Draco Malfoy verliebte warum wusste er nicht was der Auslöser gewesen war wusste er ebenfalls nicht er wusste nur dass er für immer bei diesem verbohrten arroganten sarkastischen Mann bleiben würde vorsichtig strich er Draco die Haare aus der Stirn fuhr ihm über die Wange während ihn graue Augen in dem dämmerlich beobachteten du siehst scheiße aus sagte Draco dann und streckte seine Hand aus um über den Schlamm und Dreck an Harrys Brust zu fahren du siehst auch nicht viel besser aus Dracos Augen fielen wieder zu und Harry wusste nicht ob ihm bewusst war was er da machte aber er lehnte sich gegen Harrys Hals und verharrte dort während Harry die Arme um ihn geschlungen hatte und ihn stützte vielleicht sogar ein wenig wärmte doch sobald sie Schritte auf dem Gang hörten kam wieder Leben in die ruhigen Körper er löste sich von Harry und dieser ließ ihn langsam gegen die Wand gleiten dass er wenigstens nicht auf dem verdrängten Boden liegen musste und jetzt binde mir die Hände zusammen das würde Harry ganz sicher nicht tun er hatte zwar Dracos Wunden geheilt aber er würde den Mann der auf dem Boden hockte und ihn so eindringlich musterte ganz sicher nicht auch noch erniedrigen indem er ihm Handfesseln anlegte aber wahrscheinlich hatte Draco mal wieder recht so wie er immer recht hatte wenn der Heiler und die Wärter reinkommen und Draco einfach nur da liegen sehen würden dann würde das ein schlechtes Licht beziehungsweise das richtige Licht auf Harry werfen immerhin war Draco ein Verdächtigter es tat ihm selber weh als er Draco die Fesseln wieder umlegen musste doch wie immer verzog Draco noch nicht einmal eine Miene als sich die Handschellen um seine Handgelenke schlossen Teil 54 ein Heiler betrat die Zelle ein wenig verdutzt blickte er Harry an dann wandte er sich zu Draco unsicher was Harry nun tun sollte trat er von einem Fuß auf den anderen sollte er gehen? Draco ein wenig Privatsphäre gönnen? oder bleiben? der Wärter sagte mir dass sie randaliert hätten und sich dabei verletzten sagte der Heiler während er mit dem Zauberstab ruhig über Dracos Körper glitt geht es ihnen nun besser? haben sie sich beruhigt? ungläubig starrte Harry den Heiler an das konnte nicht sein Ernst sein er hatte selber die Brandwunden in Dracos Gesicht gesehen selbst Dracos Kleidung wies noch Schnitte auf und das Stoff drumherum hatte sich mit Blut getränkt er machte einen erbosten Schritt auf den Mann zu um ihn an den Schultern zu packen und zu schütteln aber Draco kam ihm zuvor oh ja danke der Nachfrage ich war so sauer auf mich selbst dass ich mir nicht anders zu helfen wusste als immer wieder gegen die Wand zu rennen zum Glück haben sie mir dann die Hände auf den Rücken gebunden dass ich die Stöße nicht mehr mit meinen Händen und Arm abfangen konnte so tat es Merlin sei Dank gleich doppelt so sehr weh der Wärter der in der geöffneten Zellentür stand scharrte nervös mit den Füßen sagte sonst aber nichts auch der Heiler ging nicht weiter darauf ein und Harry sah Draco immer wieder leicht zusammenzucken während die magischen heilenden Sprüche durch seinen Körper jagten und seine Verletzungen und sicher auch Knochenbrüche zu heilen begannen keine zwei Minuten später erhob sich der Heiler wenn sie so etwas noch einmal machen dann werden wir sie auf eine Liege fixieren also überlegen sie sich ob sie ausrasten wollen auf Dracos Lippen erschien ein höhnisches Lächeln während er aufstand mal schauen ob ich mir das merken kann der Heiler nickte Harry zu welcher nicht mehr auf ihn achtete und ging dann hinaus Harry hörte deutlich dass er etwas von Todessern und dem Schlaf welcher ihm im Gang war ernuschelte unter keinen Umständen würde er Draco so alleine lassen er sah wie dieser sich über die Lippen leckte und sich dann unsicher nach etwas zu trinken umsah auch Harrys Blick huschte in der Zelle herum und erst jetzt als sie seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten sah er wie feucht und schimmlig die Wände Böden und selbst die kleine Matratze waren auf der Pritsche lag nur eine dünne Decke und die Matratze war voller dunkler eingetrockneter Blutflecken Harry hob seinen Zauberstab und schwang ihn durch die Luft kein Ton verließ seine Lippen da ihr die Zähne vor Wut so fest zusammenpresste dass er nicht wusste ob er sie auseinander bekam er entfernte den Schimmel von den Wänden fegte die Feuchtigkeit aus dem Raum und als er dabei war eine richtige Matratze auf die Unterlage zu zaubern welche sich als Bett beschimpfte stockte er selbst wenn er aus dieser Zelle ein Luxusapartment machen würde so würde Draco nichts vor den Wärtern oder den anderen Gefangenen schützen deswegen drehte er auf dem Absatz um und blickte Draco ins Gesicht bekomme ich jetzt mein ganz persönliches Traumhaus mit Ken zusammen höhnte er und Harry konnte nicht verhindern dass seine Wut ein wenig verflog nur Draco konnte in einer solchen Situation etwas Abstruses von sich geben Harry hatte Draco erklärt was es mit den Plastikhäusern und der lebensgroßen Barbie auf sich hatte welche sie in Paris in einem Schaufenster gesehen hatten und Draco hatte nur schmunzelnd den Kopf geschüttet nein Mr. Malfoy ich werde sie mit ins Ministerium nehmen ich sehe es nicht ein dass ich jedes Mal hierher kommen muss die ewig lange An- und Abmeldung über mich ergehen lassen soll wenn ich sie nur fragen will ob es im Hochmoor von Schottland eine ehemalige Villa von Voldemort gibt der Wärter hinter Draco meldete sich zu Wort haben sie die Überführungspapiere? ohne auf ihn zu achten fuhr Harry fort die Todesser die wir gefangen haben werden schon bald auspacken und sie haben doch zu dem inneren Zirkel von Voldemort gehört der Rest des Zirkels ist entweder tot oder noch auf der Flucht ich habe keine Lust jede der Aussagen zu überprüfen nur um dann festzustellen dass einer von beiden lüht es zuckte verdächtig um Dracos Mundwinkel sein harter Ausdruck wurde ein wenig weicher und seine angespannten Schultern sanken ein Stück nach unten die Überführungspapiere sagte der Wärter wieder und Harry ging gelassen an Draco vorbei stellte sich vor ihn und versuchte Hermine zu imitieren wenn sie ihn anfunkelte die werde ich Ihnen morgen schicken aber nun nehme ich den Gefangenen mit ich kann nicht zulassen dass sie den Gefangenen einfach mitnehmen nun war es Harry der erbost schnaubte interessiert mich nicht ich werde ihn jetzt mitnehmen denn ich habe keine Lust auch nur eine Sekunde länger hier zu bleiben demonstrativ sah Harry sich um und drehte sich dann zu Draco mitkommen Mr. Potter ich weiß ja was sie fürs Land getan haben aber na wunderbar und deswegen nehme ich mir jetzt das Recht einen Todesser mitzunehmen weil ich der letzte bin der ihn freilassen würde wieder öffnete der Wärter den Mund doch nun riss in Harry der Geduldsfaden wütend hielt der Mann seinen Zauberstab vor die Nase mit diesem Stab habe ich Voldemort getötet log er gerade heraus wollen sie der nächste sein der Mann begann zu schielen um die Spitze im Blick halten zu können ehe er den Kopf schüttelte dann zwei kleine Schritte nach hinten machte und ihn so den Weg freigab langsam senkte Harry seinen Stab und verstaute ihn in seinem Ärmel Draco trat neben ihn und Harry schob seine Hand auf dessen Oberarm nicht um ihn zu führen sondern um ihn zu stützen wenn er strauchelte aber Draco ging ruhig neben ihm her und atmete tief durch als sie zusammen durch das Tor traten Harry sah ihn von der Seite an und Draco schloss die Augen atmete noch einmal tief durch und legte den Kopf ein Stückchen zur Seite als ob er es genießen würde dass sich der feuchte Schlamm durch seine Zehen drückte und die feinen Wassertropfen die durch die Luft wirbelten und ihn erschaudern ließen gefallen würden auch wenn es Harry ziemlich peinlich war das zuzugeben aber der Anblick der sich ihm gerade bot erregte ihn Draco war keine Schönheit im klassischen Sinne er war zwar groß und schlank aber nicht muskulös zudem hatte die Zeit in Asgaban ihr Übriges getan weswegen er inzwischen einfach nur noch dünn war seine Haut war zu hell fast schon durchscheint und sein Kinn die Nase und die Wangenknochen zu spitz und markant als dass sie wirklich als schön gelten konnten aber vielleicht war es genau das was Draco so perfekt machte er war einzigartig genau so wie er aussah er war ein Typ der nicht in der Masse unterging und jeder kannte seine Erscheinung vielleicht würde er auf viele Anziehender wirken wenn er nicht immer diese eisige Kälte ausstrahlen und so verbissen sein würde manchmal wenn Draco entspannt in der Zeitung las oder auf dem Besen flog oder schlief dann konnte Harry einfach nicht anders als ihn anzustarren denn dann waren es keine harten Züge die seinen Ausdruck beherrschten in diesen Momenten sprühte sein Blick vor purer Tatenkraft und seine Lockerheit wirkte unglaublich anziehend in diesen Augenblicken war Draco für Harry einfach nur schön fast schon magisch schön eine klassische Vila-Schönheit Harry musste sich gewaltsam von diesem Bild lösen und blickte rasch zu Boden um sich nicht in seinen Gedanken zu verlieren komm sagte er und zog Draco weiter der sich seinen Schritten anpasste und mit so viel Würde barfuß verklebt und verdreckt mit nichts weiter als einem abgetragenen zerrissenen Gefängniskittel neben ihn herschritt so dass Harry ihn dafür bewundern musste er spürte nur wie Dracos Hände leicht zitterten und sich das Beben bis in den Oberarm hoch zog so dass Harry ein wenig fester zupackte bereit? fragte Harry ihn als sie an dem Apparierpunkt standen Draco nickte und Harry schlang ihm nachdem er noch einmal kurz zu dem Berg umgedreht hatte die Arme um den Körper ehe er sie direkt ins Ministerium brachte Teil 55 es war spät und das Ministerium lag still und verlassen vor ihnen während Harry Draco durch den Seiteneingang nach unten führte ein Werter blickte auf erkannte Harry und nickte ihm dann nur zu während Harry ihm seine Marke unter die Nase hielt er brachte Draco in eine Zelle und deutete auf die Dusche in der Ecke während er ihn wie Fesseln wegzauberte hier im Ministerium hatte er Draco im Blick er würde mehrmals täglich bei ihm vorbeischauen können und darauf achten dass er etwas Anständiges zu essen bekam sein Blick huschte über Dracos Äußeres und während er die Tür hinter Draco schloss ohne sie zu verriegeln rief er Dracos Hauselfe was kann Lacey für Master Harry Potter tun fragte sie ihn und verneigte sich tief vor ihm Harry strich sich über die Stirn er wusste wie gefährlich das war was er hier gerade machte Draco würde nicht einfach verschwinden das konnte er nicht aber wenn es herauskommen würde dass Harry Draco einfach aus Asgaba mitgenommen hatte dann würde selbst er als Bezwinger Voldemorts ernsthafte Probleme bekommen bring Draco bitte saubere Sachen etwas zu essen Duschgel und alles was er sonst noch haben will Dracos Elfe verneigte sich zuvorkommt Lacey wird alles tun was Master Harry Potter ihr aufgetragen hat danke Lacey die Elfe blickte ihn an fummelte an ihrem Geschirrtuch herum und wollte wohl schon wieder verschwinden da fiel Harry etwas ein als er die Initialien der Malfoys auf dem Geschirrtuch sah kanntest du Dobby ja Master Harry Potter mit großen Augen blickte sie ihn wartend an und Harry wusste gar nicht mehr warum er das gefragt hatte ähm dann danke das ist alles die Elfe verneigte sich nochmals und verschwand dann während Harry sich müde über die Stirn fuhr er musste das Überführungsschreiben noch aufsetzen es war nur eine Formalität da er den Rang hatte um Draco hierher zu bringen aber er brauchte einen Grund für diese Verlegung und der musste gut sein er würde wohl lügen müssen als er eine halbe Stunde später mit tintenbefleckten Fingern zu Draco in die Zelle kam fand er diesen gewaschen mit immer noch leicht feuchten Haaren auf seiner Matratze sitzend vor neben ihm stand ein näherer Teller vorsichtig setzte Harry sich neben ihn und streckte dann zögerlich die Hand nach Draco aus der seine Bewegungen verfolgte und dann wieder zu Harry hochsah die Hand aber nicht wegzog was passiert jetzt? fragte Draco ich habe in deiner Akten gesehen deine Verhandlung wurde vorverlegt übermorgen sagte er dann als er Dracos fragenden Ausdruck sah übermorgen wiederholte dieser leise hast du nein Draco ich habe gar nichts herausgefunden es ist nicht so leicht wie du das vorstellst ich muss vorsichtig sein um nicht zu viel Staub aufzuwirbeln und ich bin alleine ich habe kein mehrköpfiges Aurorenteam hinter mir stehen das mir helfen kann und auch wenn mir die Weasleys alle helfen können sie auch keine Wunder bewirken er bos stand er auf und schritt in der Zelle auf und ab ehe er sich wieder Draco zuwandte der ihn anblickte und sich dann erhob Harry die Hände auf die Schultern legte und ihn gegen die Wand drängte jetzt hör mal gut zu du denkst schon wieder daran dass du dich zu erkennen geben willst aber das wirst du nicht tun Harry öffnete den Mund um Draco zu fragen woher zum Geier er das nun schon wieder wusste aber Draco unterbrach ihn drängte sich näher an ihn halt den Mund unterbrach er Harry und dieser schloss ihn wieder wenn die Verhandlung ist werde ich sagen dass du mich dazu gezwungen hast aber ich deinen Namen nicht nennen darf dass ich dein Werkzeug war verstehst du natürlich verstand Harry das aber er fand die Lösung dass er als Zwischenserum fungierte immer noch gut nein schnauzte Draco ihn sofort an manchmal hatte Harry den gruseligen Eindruck dass Draco seine Gedanken lesen konnte vielleicht sollte er mal wieder ein wenig üben seine Gedanken zu verschließen wir hatten diese Diskussion schon und haben festgestellt dass es nichts bringt fuhr Draco fort und löste seine Hände von Harrys Schultern auf einmal kam er Harry unglaublich müde vor er schloss die Augen und wischte sich dann darüber ehe er sich wieder ihm zuwandte geh nach Hause ich werde auch morgen noch hier sein außer mir gelingt es über Nacht zu einem Animagus zu werden und irgendwie abzuhauen erst jetzt fiel Harry auf dass Draco die Muggelsachen trug die sie zusammen gekauft hatten die Jeans und der Pullover wirkten fremd machten ihn aber auch gleichzeitig nicht so unmenschlich wie der schwarze Anzug mit einer Krawatte irgendwie sah er jetzt nur noch nach einem 21-jährigen Jungen aus der mit feuchten Haaren in einer Zelle stand und weder ein noch aus wusste die bekannte Gefühlsmischung aus Mitleid, Sorge und Scham durchflutete Harry nur dass sich jetzt auch dieses Verliebtsein in ihm ausbreitete am liebsten hätte Harry sich für diesen dämlichen Gedanken kichernd abgewandt aber er konnte Draco nur anstarren der sich durch die Haare strich missmutig die Einrichtung musterte und sich dann auf das Bett sinken ließ er wollte Draco nicht verschrecken deswegen setzte er sich neben ihn legte nach einer kurzen Pause einen Arm um dessen Schulter und zog ihn ein wenig gegen sich ehe er mit einer freien Hand sein Kinn zu sich drehte und ihn küsste irgendwie war ihm klar dass alle anderen Worte fehl am Platz waren und sie sich schon alles gesagt hatten was es zu sagen gab prompt reagierte Draco fast schon verzweifelt krallte er sich an Harrys Oberteil fest küsste ihn hungrig zurück bis ihm scherzhaft in die Unterlippe als Harry nicht sofort den Mund öffnete und drängte sich gegen ihn sie stürzten zusammen nach hinten und Draco presste sich eng an ihn hielt seine Handgelenke schmerzhaft fest löste sich dann von seinen Lippen und liebkoste seinen Hals ehe er auch hier schmerzhaft zu biss ich dachte du würdest nicht mehr kommen murmelte er gegen Harrys Hals und seine Hände lockerten sich ein wenig so dass Harry sich befreien und seine Arme um Dracos Körper schlingen konnte beruhigend versuchte er Draco zu streicheln der sich aber aus Harrys Arm wand und dann nur triumphierend Harrys Stab in den Händen hielt du bist ein beschissener Auro-Potter sofort griff Harry nach seinem Arm Draco hatte ihm wirklich den Zauberstab entwendet und schwang ihn nun nachdenklich durch die Luft ehe er ihn umdrehte und ihn Harry mit dem Griff zu Gewand zurückgab Harry griff danach setzte sich auf und verstaute seinen Zauberstab wieder einmal hatte Draco nachdem er sich ihm so geöffnet hatte ihm gesagt hatte was für eine Angst er gehabt hatte alleine gelassen zu werden etwas tun müssen um das Ruder wieder herumzureißen aber langsam kannte Harry dieses Verhalten und er gab nicht mehr viel darauf es war seine Art sich zu schützen so wie Harry sich vor dem Tagespropheten und neidischen Zauberern schützte indem er sie schlicht ignorierte inspirierte Draco rutschte an die Wand und streckte die Füße aus Harry zögerte kurz bis jetzt hatte Draco ihn nicht von sich gestoßen wie er es sonst manchmal machte und so ließ er sich auch mit dem Rücken gegen die Wand sinken Schulter an Schulter saßen sie schweigend da Harry rollte seinen Stab zwischen den Fingern hin und her während sein Blick uns steht über die kahle Wand huschte wie lange sie da genau saßen wusste Harry nicht aber als er aufschreckte weil sein Kinn auf seine Brust gesunken war schlief Draco neben ihm tief und fest der Mund leicht geöffnet die Schultern waren entspannt und seine Hand lag auf Harrys Oberschenkel und wieder sah Draco so sehr nach einer Wiele aus dass es Harry heiß wurde und er gleichzeitig das Verlangen hatte Draco beschützend an sich zu ziehen nun könnten er und Fleur mit den hellen Haaren und den sanft geschwungenen Zügen Geschwister sein vorsichtig löste Harry sich von ihm ließ ihn in das Bett rutschen und sprach dann ein Zauber über Draco welcher ihn sofort alarmieren würde wenn Draco wach war dann stahl er sich aus dem Raum verriegelte die Tür und holte sich dann aus dem Aufenthaltsraum einen Kaffee er hatte nur noch zwei Tage Zeit um Dracos Unschuld zu beweisen das würde eine lange Nacht für Hermine, Ron und ihn werden Teil 56 Draco wurde auf einen Schlag richtig wach als er frisch gekochten Kaffee roch nicht das braune Zeug das sie in Asgaban als Kaffee verkauften sondern richtigen Kaffee er stellte es ein so zu tun als ob er noch schlafen würde drehte sich um und sah sich der größten Ratte gegenüber die er je gesehen hatte Weasley stellte er kühl fest und setzte sich dann auf er strich sich rasch über den Mund Augen und dann durch sein Haar um nicht allzu verschlafen auszusehen so wie die Ratte vor ihm er sah so aus als ob er auf einem Pergament die Nacht verbracht hätte auf was das spiegelverkehrte Wortbruchstück Aaron hindeutete ganz zu schweigen von den Tintenflecken auf der Wange und über der Augenbraue sowie kleineren die sich unter die ganzen Sommersprossen mischten Malfoy gab dieser zurück und reichte Draco eine von den zwei Tassen Kaffee wartend ohne den Kaffee zu kosten starrte Draco die Ratte an stand dann auf und musterte sein Gegenüber so kühl er konnte wo ist Harry schläft Draco hob beide Augenbrauen und wartete dass da noch mehr kam aber die Ratte musterte ihn nur weiterhin hör mir mal zu Weasley ich weiß dass du noch nie jemanden gesehen hast der nicht danach aussieht als ob seine Klamotten die Generation mehr schlecht als recht überdauert haben oder die nicht mit Essen vollgesaut sind aber du trägst Muggelkleidung unterbrach die Ratte ihn ich habe es Harry nicht geglaubt als er es gesagt hat richtig er trug die Jeans und ein Pullover welchen er mit Harry zusammengekauft hatte seine Elfe hatte ihm die Sachen gebracht und Draco war zu müde zu kaputt gewesen um zu protestieren Essen und Schlafen waren die oberste Direktive gewesen als Antwort nahm Draco einen Schluck aus der Tasse verbrannte sich den ganzen Mund und schlugte den Kaffee dann runter nichts auf der Welt hätte ihn dazu gebracht vor der Ratte in die Tasse zu spucken wie auch immer fuhr die Ratte fort und verschränkte nun die Arme vor der Brust wobei er darauf achtete sich nicht mit dem heißen Kaffee einzusauen ich für meinen Teil würde es sehr begrüßen wenn du in Asgaband verschwindest und ich dich nie wiedersehen müsste dummerweise halten Harry und Hermine nicht viel davon ich werde dir also helfen deinen aristokratischen Arsch zu retten aber ich warne dich vorher war Draco nie aufgefallen wie riesig die Ratte war er war mindestens noch einen Kopf größer als Draco und das Training zum Auroren hatte einen ganzen Haufen Muskeln aus ihm sprießen lassen dieser zog seinen Zauberstab und hielt ihn Draco drohend an die Brust sodass dieser einen Schritt zurück machte welchen die Ratte gleich hinterher ging du bist eine Wheeler und deswegen kannst du Harry nicht körperlich verletzen du bist an ihn gebunden und du weißt sehr genau wie Harry ist er hält still während du ihm mit deiner netten Art piesackst und ihm das Leben zur Hölle machst er will dir helfen und ist deswegen nett zu dir deswegen warne ich dich ein letztes Mal Malfoy sollte Harry je wieder bei uns zu Hause auftauchen und verzweifelt sein weil er an dich gebunden ist weil du einfach du bist dann bringe ich dich dazu Schnecken zu spucken immer und immer wieder und ich kann dir sagen dass das nicht toll ist die Spitze des Stabes stieß Draco noch einige Male bekräftigend in die Brust dann zog sich die Ratte zurück und Draco atmete erleichtert auf auf einmal wirkte der Rothaarige gar nicht mehr so bedrohlich sondern schlicht nur noch groß und schlagsig was kann ich dafür dass Potter so eine Heulsuse ist jetzt hör mir mal zu du Frettchen fuhr die Ratte ihn wieder an und fasste erneut nach seinem Zauberstab Draco wünschte sich ein Zeitumkehrer dass er sich selbst davon abhalten konnte den Zauberer der im Gegensatz zu ihm einen Zauberstab hatte zu bruskieren was soll das Frettchen fragte Harry der die Tür geöffnet hatte und schlicht schrecklich auch sah er war blass seine Kleidung war die gleiche die er in Russland getragen hatte hieß gleich dreckig und er schien auf seinem Teller mit Essen eingeschlafen zu sein wenn man den Ketchup an seinem Ohr richtig deutete nicht murmelte die Ratte leise und schob dann seinen Stab zurück er soll seinen Kaffee austrinken Geschirr ist in den Zellen nicht gestattet langsam wandte Harry den Blick von Draco ab und grinste seinen Freund breit an seit wann so genau mit den Vorschriften Mr. Weasley seit mir 1500 Galleonen entgehen nur weil ich den nicht verpetzen darf gab die Ratte zurück und Harry errötete ein wenig du darfst den Propheten ein exklusives Interview geben wenn wir Draco hier raus haben der ollen Kim Korn lass stecken Harry am Ende dichten sie mir noch an dass ich so gnadenlos in dich verliebt und eifersüchtig auf Draco bin der eigentlich an Hermine gebunden ist oder sowas er winkte ab und verließ dann die Zelle während Harry sich auf Dracos Bett setzte und die Beine ausstreckte zügand reichte Draco ihm seine Tasse mit Kaffee ah danke gab Harry zurück ergriff sie und nahm einen großen Schluck ehe er Draco herausfordernd anblickte was ist das für ein Ding in deinem Nacken was habt ihr die ganze Nacht gemacht gab Draco sofort eine Frage zurück verschiedenes ist das in deinem Nacken nur eine Platte nein sie verhindert dass ich stablose Magie benutzen kann was für Sachen wir sind immer wieder die Akten durchgegangen wie verhindert sie es die Platte verhindert nur dass die Nadel nicht raus rutscht Akten was soll das heißen es gibt mehrere natürlich Akten wir sind deine Akten durchgegangen die für deine erste Todesserverhandlung angelegt wurde dann die Akte als sie dich ausspioniert haben und dann noch deine aktuelle mit allen Beweisen und Aussagen was für eine Nadel sie haben mir eine Nadel bis ins Magie Zentrum geschoben die mit Gift getränkt ist sie haben was gemacht fuhr Harry auf sprang auf und schüttete dabei den Kaffee über Dracos Bett warum hast du mir das nicht gesagt was haben sie gemacht wie wie haben sie es gemacht Dracos Blick klebte auf dem Fleck auf seiner Matratze da hatte er mal wieder eine saubere Unterlage auf der er gut schlief und Harry versaute sie dämlicher ungeschickter Gryffindor Bengel der freundliche Heiler aus Asgaban hat mir die Nadel in den Kopf geschoben nachdem er mich gelähmt hatte und da ist sie immer noch drin sie ist mit einem Gift durchtränkt welche die Magie stoppt und lähmt die Platte verhindert dass die Nadel rausrutscht Harry war näher gekommen und legte seine Hand sanft auf Dracos Schulter und zog daran dass dieser sich drehen sollte Draco kam der stummen Aufforderung nach und schob seine Hand unter seine Haare um Harry eine bessere Sicht darauf geben zu können drück nicht drauf sagt er sofort als er Harrys Fingerspitzen auf seiner Haut spürte die sanften Fingerspitzen blieben wo sie waren und strichen nur sanft um die Platte herum ohne sie zu berühren ehe Draco seine Haare zurückfallen ließ und sich Harry zuwenden wollte doch dieser schlang beide Arme um ihn drängte sich eng an ihn und vergub sein Gesicht zwischen Dracos Schultern während Draco die Arme untätig nach unten hängen ließ es tut mir so leid nuschelte er undeutlich ich kann mich nicht erinnern dass du mir das Ding in den Nacken gestoßen hast Harry schwieg und zog Draco dann enger an sich er strich ihm sanft über die Brust und den Bauch während Draco Harrys warmen Atem an seinem Nacken und den Schultern spüren konnte lässt du das bitte davon werde ich geil nun lachte Harry löste sich aber nicht von ihm sondern legte sein Kinn auf Dracos Schulter wir haben uns deinen Fall angesehen die Aussagen die Berichte eben alles was es gibt wir waren heute nacht an dem Tatort und haben alles abgesucht dann waren wir im Melfor Männer und haben auch dort geschaut ob wir irgendetwas finden ich weiß nicht ein Fluch ein Gegenstand oder sonst was der dich beeinflusst hätte dass du den Mord begehst und ihn dann wieder vergisst irgendwas aber wir haben nichts gefunden das war sein Todesurteil die drei Helden hatten es geschafft als Kinder den stärksten Magier aller Zeiten zu vernichten oder den zweitstärksten nach Dumbledore aber das war irrelevant sie hatten nichts gefunden und außer Dracos Aussage die man praktischerweise nicht überprüfen konnte gab es nichts das für Dracos Unschuld sprach ein wenig wandte Draco sich und Harry ließ ihn nun los das das war war es dann fragte Draco Harry und dieser schüttelte vehement den Kopf wir schlafen jetzt eine runde und dann fangen wir noch mal von vorne an wir müssen etwas übersehen haben und was wenn ihr recht habt wenn ich manipuliert wurde pickel fresse umgebracht habe und es nicht mehr weiß ich befehle dir mir die Wahrheit zu sagen kam es ruhig von Harry der näher kam und Draco sanft über die Hand strich was im komplett krassen Gegensatz zu der Autorität in seiner Stimme stand hast du Havel umgebracht hast du etwas mit seinem Tod zu tun hast du eine Ahnung wer es gewesen sein könnte hast du jemanden unterstützt der ihn tot sehen wollte fragte Harry kam noch näher und fuhr Draco langsam mit einem Finger über den Hals und den Kiefer reflexartig beugte Draco sich zu ihm herunter saugte den bekannten Geruch ein den er so liebte und in den letzten Tagen so sehr vermisst hatte und leckte sich über die Lippen nein hauchte er dann leise und Harry überquerte die restliche Distanz zog Draco zu sich und küsste ihn hungrig irgendwie war Draco klar was sie jederzeit könnte jemand in die Zelle kommen und sei es nur um zu fragen warum Draco nicht in Asgaban saß aber es war ihm egal und er wusste dass es Harry auch egal war wenn sie jemand erwischen sollte dann war es halt so morgen würde Draco verurteilt werden und nichts und niemand konnte ihm helfen weder Harry noch seine kluge Muggelfreundin würden etwas herausfinden er würde in Asgaban landen und dort nach wenigen Wochen entweder an Muggelernährung verrecken oder die Wärter würden ihn umbringen und wenn es das nicht war dann würde sich er Rudolfus ihm zu gerne den Schädel einschlagen wir sollten nicht mummelte Harry gegen Dracos Lippen und strich ihn mit einer Hand unter dem Pullover Draco erschauderte kurz als er Harrys kalte Hand auf seiner Haut spürte wir sollten wirklich nicht sagte Draco bemüht ruhig und küsste Harry wieder könnte aber die letzte Möglichkeit sein schob er gleich hinterher als Harry sich von ihm los machen wollte die leise gegrummelte Antwort von der Draco nicht sagen konnte ob sie positiv oder negativ war brachte ihn dazu nun eine Hand unter Harrys Oberteil gleiten zu lassen und sanft über sein Rückgrat zu fahren ja ihr solltet wirklich nicht also könntet ihr dann bitte die Hände dahin tun wo ich sie sehen kann fragte jemand und nur langsam tropfte in seinen Verstand dass die Stimme zu hoch und zu weiblich war als dass sie Harry gehören könnte ruckartig löste er sich von seinem Partner und trat einen Schritt zurück Granger stand in der Tür und musterte die beiden halb belustigt halb peinlich berührt immerhin war es das erste mal dass sie sah wie Harry ein Mann und dann ausgerechnet Draco küsste was willst du fragte Harry so grantig zurück dass Draco ihn dafür heftig angefahren hätte wenn er so mit ihm gesprochen hätte aber auch Granger schien zu bemerken wie müde Harry war denn auch Granger sah nicht besser aus ihr Haar war noch zerzauster als sonst und auch sie hatte tiefe Augenringe ganz zu schweigen von dem verschmierten Make-up um die Augen die wohl daher rührten dass sie sich auch immer wieder über ihr Gesicht gefahren war du hast vielleicht Dienst und solltest dich vorher umziehen hm machte Harry nur und fügte dann danke hinzu Teil 57 den ganzen tag über war du lecker alleine es kam nur ein mitarbeiter vorbei der ihm mitteilte dass er morgen um punkt 8 uhr seine verhandlung haben würde sie um 7 uhr abholen würden und er dann entsprechend vorbereitet sein sollte du wich das für einen schlechten witz in wie fern sollte er sich denn vorbereiten können gegen abend kamen die drei helden vorbei um ihm zu sagen dass sie nochmals losziehen würden und verschiedene leute befragen wollten aber draco musste nur der ratte ins gesicht sehen um zu erkennen dass er weder lust darauf hatte noch sich wirklich große erfolgschancen ausrechnete granger und die ratte zogen sich diskret zurück um harry ein paar minuten mit draco zu lassen hier sagte dieser und reichte draco einen frischen anzug danke gab draco schwach zurück und legte die sachen auf das bett dann schwiegen sie sich an während harry von einem fuß auf den anderen trat danke sagte draco zum zweiten mal hast du schon gesagt nein ich meine für alles dass du es so sehr versuchst und dir so viel mühe gegeben hast ich meine das mit mir und das weiß ich wirklich zu schätzen wirklich selbst in dracos ohren hörte sich das lächerlich und schwach an aber ihm fiel nichts anderes ein wie er es besser ausdrücken könnte draco fuhr harry heftig auf und packte ihn schmerzhaft an den oberarm du redest so als ob du schon verurteilt worden wärst du bist unschuldig und ich kann immer noch als zwischenserum fugieren und nun war es draco der seine arme erst von harrys klammergriff löste um seine hände eng um harrys oberarme zu legen um ihn dann schon fast zu nah zu sich zu ziehen er fühlte sich seltsam traurig und zerschlagen aber er war erleichtert dass es morgen vorbei sein würde und diese lächerliche hoffnung auf rettung dann endlich gänzlich zerstört wäre auch jetzt noch hoffte und bangte er dass war so abwegig wie es eben nur sein konnte harry sagte er ruhig und versuchte sich möglichst professionell anzuhören schwere mir dass du nicht sagst wie du zu mir stehst du würdest nur ärger bekommen vor allem du als auror der als zeuge gesucht wurde und sich nicht gemeldet hat du hast dein amt mehrfach missbraucht für deine freiheit ist mir mein job egal begehrte harry auf und draco schossen bei dem satz fast die tränen in die augen harry liebte ihn oder er mochte ihn wenigstens nach all den jahren alleine war ihr jemandem nicht komplett egal was hat granger zu dem vorschlag gesagt fragte draco ruhig nach und versuchte seine stimme kräftig klingen zu lassen und nicht danach dass er gleich wie ein schulmädchen in tränen ausbrechen würde nun war es an harry kleinlaut zu werden sie hat einen fall gefunden in welchem der her befragt wurde 18 irgendwas sie gaben ihm das serum er sagte aus und befragte dann seine wila kurze zeit später tauchten beweise gegen die wila auf weiß nicht mehr was und daraufhin wurde sie verurteilt sie hatte ihm mit wila magie die erinnerung verändert gloss harry und war gegen ende so leise geworden aber schwöre es fuhr drago ihn an und packte harrys oberarme wieder wieder fester so dass auch er einen leichten schmerz verspürte aber seinen griff nicht lockerte ich ich schwöre es sagte er dann fast tonlos schwöre mir dass du zu deiner kleinen kröte zurück gehst entschuldige dich bei ihr und dann heirate sie bekomme von mir aus eine ganze krillage mannschaft von kindern mit ihr aber komme nicht ein einziges mal zu mir nach askabahn fassungslos starrte harry ihn an er öffnete den mund und draco sagte sofort von mir aus auch parkinson granger oder mcgonagall aber schwöre es mir vielleicht war es die art wie er harry anstarrte vielleicht auch die müdigkeit die ihm so deutlich ins gesicht geschrieben stand oder er verstand was draco von ihm wollte denn er senkte den kopf und murmelte dann ich schwöre es irritierender weise war draco auf der einen seite wahnsinnig froh und auf der anderen bitter enttäuscht dass er nun wieder alleine war er hörte das vertraute knirschen und schloss die augen um noch einmal tief luft zu holen ihr bann zerbrach schon wieder und dieses mal endgültig gut dann geh jetzt nach hause lass dir von creature was kochen dann leg dich ins bed und schlaf dich aus was du und die beiden anderen da draußen die letzten tage nicht gefunden habt das werdet ihr heute nacht auch nicht finden aber ich kann doch nicht fuhr harry wieder auf und draco unterbrach ihn doch das kannst du wenn du mir einen gefallen tun willst alles sagte harry sofort und blickte ihn eifrig an dann hol jumenta leg sie und die anderen hauselfen aus den männer lass sie aber bloß nicht frei gib die fünf hauselfen den wiseln und bitte kümmere dich um jumenta du musst sie nicht behalten wenn sie dich stört dann kannst du sie auch freilassen aber stell ihr doch ab und an bitte eine schale milch raus oder hey draco ich werde sie behalten okay ein kleiner stein kullerte von dem berg an geröll und felsen die auf dracos schultern lasteten irgendwie war er froh dass ein teil von ihm so klein und haarig der auch war bei harry bleiben würde dass harry ihn wenn er mit der kröte wieder zusammen war nicht allzu schnell vergessen würde dass er die katze vielleicht ab und an ansah und an draco dachte wenn er schon lange den kampf gegen die werter und den schmerzen der entfernung aufgegeben hatte kurz nickte er und versuchte sich dann an einem schiefen grinsen hättest du jemals geglaubt dass wir mal in einer zelle stehen würden ich in muggel kleidern und wir uns über eine straßen katze unterhalten wenn ich dir das erzählt hätte trocken nachte harry auf ich hätte niemandem geglaubt dass du mal was anderes als deine schwarzen anzüge tragen würdest langsam löste draco seine hände von harrys arm trat dann einige schritte zurück und sagte dann tja das war's dann wohl potter draco der schnallste nur mit der zunge was habe ich dir gesagt für dich wieder melfoy ich mag es nicht wenn meine bett geschichten mich mit dem vornamen anreden das impliziert eine zu innige verbindung ich weiß nun musste draco doch grinsen ehe er nach der ratte und granger rief beide öffneten die tür wieder und sahen dann von einem zum anderen granger wirkte erleichtert als sie sah dass beide angezogen waren und eine gewisse distanz zwischen ihnen hatten der Held will jetzt heim in sein Bett bringt ihr ihn bitte ratte und granger blickten sich kurz zweifelnd an dann nickte sie komm das frettchen hat recht du musst eine runde schlafen sagte die ratte sie hatten es also gehört was harry und er besprochen hatten verdammte neugierige gryffindors liebevoll legte granger harry einen arm um die schultern und dieser ließ sie von ihr aus der zelle gleiten kurz war draco versucht sie anzuschnauzen dass sie ihre dreckigen muggelfinger von harry lassen sollte aber dann hielt er sich zurück und musterte dann die ratte die kurz zögerte dann auch rausging die zellentür zuschlug und verriegelte dueco saß die ganze nacht unter der dusche er hatte das wasser so heiß wie er es gerade noch aushielt gedreht und genoss die hitze auf seiner haut wahrscheinlich das letzte mal dass er alleine mit heißem wasser duschen konnte immer wieder knirschte es es würde vorbeigehen er tippte selber darauf wenn sie ihn verurteilt hatten und die gerichtstür sich hinter ihm verschließen würden er schlief unter der dusche ein und wachte auf als jemand gegen die tür hämmerte dueco melfoy berüllte eine stimme die dueco aufschrecken ließ es ist 6 30 stehen sie auf richten sie sich in 30 minuten werden sie abgeholt als erstes trocknete er sich ab dann aß er das sandwich das neben seinem bett erschienen war es schmeckte köstlich obwohl dueco nicht mal erkennen konnte was da genau drauf war aber er glaubte dass ihm jede henkers mahlzeit geschmeckt hätte dann richtete er sich versuchte seine haare ein wenig mit wasser in form zu bringen und um sieben holten sie ihn er wurde natürlich mit den schicken handschellen durch das ministerium geführt natürlich durch die gänge zu welchen die schaulistigen keinen zugang hatten und dann musste er fast eine stunde lang in einem kleinen raum in der nähe des gerichtssaal warten mit aller macht kämpfte er seine nervosität herunter ehe ein aura ihn am arm packte zusammen ging sie zu dem gerichts räumen und der aura straffte sich vor der schwarzen tür ehe er sie auf einen leisen pfiff aufstieß obwohl draco sich alle mühe gab ruhig und besonnen zu wirken stockte er doch kurz als er sich um sah die ränge waren bis auf den letzten platz besetzt eine wogene masse von gesichtern blickten zu ihm herunter und auf den meisten konnte er Hass und Missgunst lesen es waren genauso viele wie damals als wegen seiner taten unter woldemort vor so einem gericht stand während der mann ihn weiter dirigierte huschte dracos blick über die ränge und blieb dann bei harry jenny und der ratte hängen welche mittig schräg links hinter ihm saßen er war ihnen dankbar denn er wusste nicht ob er harry nicht die ganze zeit angestarrt hätte wenn er in seinem sichtfeld sitzen würde auch die wiesel mama und ihr mann waren da neben ihn saß fleur mit ihrem ehemann betroffen senkte draco den blick ehe er schnell wieder hoch sah als der aura in die stufen zu einem hölzernen stuhl führte auf welchem er ihm gebot platz zu nehmen die ketten glühten auf sobald er saß und schlagen sich zusätzlich um seine hände und seine Fuß bewegungsfreiraum für beine und arme hatte auch wenn er diesen nicht nutzen würde er hatte keine lust einen fluch in den nacken zu bekommen nur weil er sich strecken wollte kurz musterte draco die fesseln und ließ dann die hände in seinem schoß ruhen er blickte auf die leeren ringe vor sich auf welchem die zauberer sitzen würden die ihn verurteilen würden zu seiner rechten machte er einige reporter verschiedener zeitschriften aus welche jetzt schon fleißig bilder schossen und links in der untersten reihe saß aron gabriel neben seinem kleinen unscheinbaren herrn beide nickten draco zu und lächelten ihn dann aufmunternd an was draco nicht erwidern konnte er war sich sicher dass er sich gleich übergeben musste oder ihm die Tränen kommen würden wenn er auch nur eine mine verzog achtung fast wäre draco zusammengeschreckt aber dann erhob er sich vor den richtern die eintrafen sofort verstummte das leise summ von den leisen geführten gesprächen um ihn herum und alles blieb still stehen bis auch der letzte zauberer seinen platz gefunden hatte und sich setzte ein mann mit einem albernen goldenen hut auf dem kopf schien den vorsitz inne zu haben er nickte einem zauberer zu der vor einem berg an pergamenten saß mr draco melfoy sohn von lucius und narzissa melfoy geboren am 5. juni 1980 halb magisch unsicher was er jetzt sagen sollte sagt er einfach mal nichts der kleine mann der ganz unten saß fast neben gabriel senkte das pergament und musterte draco über seine Brille hinweg stimmt das ja sir beeilte draco sich zu sagen sie sind heute ihr angeklagt mr simon havell vor knapp zwei wochen am 16 märz umgebracht zu haben wollen sie dazu eine aussage machen ja sir gönnerhaft winkte nun der zauberer welcher den vorsitz inne hatte und draco schluckte heftig ich war es nicht leises gegrummel brach im saal los veräppte aber schnell wieder ich kam an diesem morgen als erstes in den laden und fand meinen kollegen in einer blut lache vor ich bin bei ihm in die knie gegangen und habe geschaut ob ich ihm noch helfen kann ich habe ein diagnose zauber gewirkt als mr woman herein kam und die situation falsch interpretierte unsicher belegte draco von einem zum anderen was sollte er noch sagen sollte er noch etwas sagen sind sie eine wila mr malfoy fragte eine hagere frau deren gesicht im schatten lag ja ma'am wer ist die her das ging ihr mal richtig zackig in zehn minuten würde sie ihr urteil gefällt haben und die herrschaft würden kaffee und kuchen trinken können wenn es in dem tempo weiter ging ich darf ihn nicht nennen sagte draco dann und spürte harrys brennenden blick in seinem rücken hat er es ihn verboten draco log ja ma'am einige zauberer des gamots steckten die köpfe kurz zusammen ehe ein junger man zu sprechen ansetzte hat er ihn befohlen simon havell umzubringen nein sir haben sie einen befehl ihres herrn missverstanden nein sir warum meldet er sich dann nicht dass wir seine aussage überprüfen können das war eine verdammt gute frage und daco konnte nun praktisch habys fingernägel hören die sich in seine jeans gruben er er nicht genannt werden sir er hat mir mein band abgenommen um mir ein normales leben zu ermöglichen er will nicht als mein er 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 auftreten weil ich über 17 bin und für mich selber sprechen kann auf diese aussage hin brach ein halber sturm an er drüstung los bis eine dicke kleine hexe mit ihrer schrillen stimme die anderen überdeckte eine villa kann nicht für sich selber sprechen anscheinend schon ich tue es gerade der klein klappte der mund auf und daco lächelte sie freundlich an er gab sich alle mühe höflich zu sein und zu bleiben der vorsitzende schlug mit seinem zauberstab auf den tisch vor sich und bei dem klopfenden geräusch welches magisch verstärkt wurde nahm der pegel an lautstärke sofort ab weitere fragen ihm schlug nur stille von seinen kollegen entgegen dann setzen sie sich wieder mr melfoy daco gehorchte und sah dann zu wie sie den verschnitt aufriefen er machte seine aussage dass draco ihn und die pickel fresse oft bedroht und beleidigt hätte dass sie angst vor ihm gehabt hätten und so weiter und sofort draco wünschte sich fast übermächtig dass der mörder den verschnitt anstatt des agne paradies umgebracht hätte zu guter letzt wurde eine schale herbeigetragen in welche havelpuffs erinnerungen geschüttet wurden und in einer wirklich beachtlichen dreidimensionalen ansicht konnten sie sehen wie der miss keld die tür öffnete und draco auf dem boden neben der leiche knien sah immer noch mit gehobenen stab und in dem halb dunkel sah draco wirklich aus wie ein vampir auf der jagd na super er stellte sich vor und sagte dann leise aus dass er den heftigen streit mitbekommen habe auch hier wurde die erinnerung gezeigt wie er durch die lauten geräusche im hinterzimmer angelockt die tür öffnete draco biss sich erbost auf die zunge er stand in der erinnerung hinter seinem arbeitstisch seine haare waren zerzaust und die windböen ließen seine kleider flattern seine Haut gesicht war so verzerrt dass draco sich selber nicht wieder erkannte wie eine vollblut wieler auf der jagd er sah zum fürchten aus die erinnerung erlosch und der vorsitzende sagte vielen dank mr underwood darf ich noch was sagen jung fragte er und erntete dafür leise lacher auch von dem vorsitzenden denn er nickte ich will nur sagen dass ich mir nicht vorstellen kann dass er es war er arbeitet seit drei jahren für mich ist stehens freundlich und zuvorkommend er hatte es in letzter zeit nicht einfach mit dem wieler zeug aber das macht noch lange keinen schlechten menschen aus ihm ungläubig starrte draco mr underwood an und versuchte sich die rührung zu verbeißen indem er wieder seine zunge maltretierte meinen sie er ist unschuldig fragte der vorsitzende nach und beugte sich ein stückchen vor ja jüngchen das glaube ich vielleicht war mr melfoy das eine oder andere mal ein wenig aufbrausend und er hat sich mit seinen kollegen gestritten aber das macht ihn noch lange nicht zu einem mörder melfoy er hatte ihn gerade melfoy genannt sie wissen dass er ein todesser ist fragte die fette kleine hexe hämisch nach mr underwood wollte antworten doch der vorsitzende ging dazwischen da steht hier nichts zur diskussion fuhr er sie scharf an aber er hat gegen seine auflagen verstoßen ich denke das tot es oder nicht jeder gegen seine auflagen verstößt wenn er jemanden umbringt nicht war elizabeth fragte ein zuschauer aus den reihen vor du aber er konnte den sprecher nicht ausmachen besagte die frot an murmelte unhörbar etwas und der vorsitzende wandte sich wieder mr underwood zu dann danke ich ihn sir nichts zu danken jungchen underwood entfernte sich und mit ihm auch die richter um das urteil zu fällen mehr leute und zeugen gab es nicht die für oder gegen dweck aussagen konnte hufflepuff sein chef für den er drei jahre gearbeitet hatte und sonst gab es niemanden mehr außer eben seinen herrn aber der saß hinter ihm und drehte sich er gerade aufgebracht seinen zauberstab zwischen seinen fingern draco widerstand der versuchung nachzusehen vollkommen schriftführer so fleißig so fleißig wie seine feder über das pargament tuschte zupfte den vorsitzenden penetrant am ärmel erst riss dieser sich los doch dann wandte er den blick von seinem blatt ab und sah er bost den man neben sich an was denn zischte er ihm leise zu doch der antwortete ihm nicht und streckte nur einen finger aus die köpfe aller anwesenden zauberer ging in die gezeigte richtung und draco schloss gequält die augen er musste sich nicht umdrehen um zu wissen auf wen der man deutete aber trotzdem tat er es harry war von seinem platz aufgestanden und granger hielt sein ärmel panisch fest an welchen sie immer noch kräftig zog der miss kerl hatte es ihn geschworen mr potter wenn ich mich nicht irre fragte der vorsitzende und draco war sich sicher dass sein strafmaß gerade um gute zehn jahre gestiegen war weil harry den richter so rüde in seiner amtsausführung unterbrochen hatte gelassen nickte harry und granger ließ die hände sinken und straffte sich er sah draco nicht eine sekunde an sondern hatte den vorsitzenden fixiert wollen sie etwas sagen fuhr der vorsitzende ihn an ja zu gerne würde draco ihm einen schweigefluch aufhalsen oder ihn sonst wohin hexen warum machte er das wenn er nun zugab wer er war das würde draco nicht retten und harry gleich zweimal nicht aber er war dazu verdammt mit gefesselten händen und füßen dazustehen und zuhören zu müssen wie harry sich ins verderben riss der verdammte held die stille die folgte war so tief dass draco sich selber perplex luft schnappen hören konnte ich habe simon havell umgebracht und das war der moment in welchem draco melfoy sich in harry potter verliebte teil 58 auch nach diesem zweiten satz war es so unglaublich still dass draco sein eigener atem unnatürlich laut vorkam und dann brach ein sturm los auf ein ungehörtes zeichen hing sprangen alle zauberer richter zuschauer und die reporter von ihren plätzen alle begannen gleichzeitig miteinander zu sprechen oder eher sich anzuschreien und innerhalb von sekunden war der raum mit einem stimmgewehr erfüllt das spielenden kindern alle ehre machte dweck wo sah die auroren welche im saal verteilt als zuschauer zwischen den zuschauern saßen aber auch bei draco aufstellung bezogen hatten entweder um ihn vor der flucht abzuhalten oder vor dem publikum zu schützen damit nicht jemand die chance beim schopf packte und draco angreifen würde unsicher starrten sie von harry zu dem vorsitzenden der sein pergament mit dem urteil hatte sinken lassen und harry anstarrte als ob dieser ihm gerade eröffnet hatte dass er voldemort nie umgebracht hatte sondern als sexsklaven in seinem keller hielt ironischerweise konnte draco die auroren nur zu gut verstehen gerade hatte jemand freimütig zugegeben dass er einen zauberer umgebracht hatte eigentlich müssten sie harry nun in gewahrsam nehmen aber immerhin handelte es sich um harry potter den harry potter der voldemort getötet hatte oder eben als sexsklaven hielt bei merlin wenn harry das nun auch freimütig zugeben würde dann würde der schock wahrscheinlich nicht sehr viel größer ausfallen es blitzte und draco schreckte zusammen natürlich zogen nun die reporter ihre kameras und schossen fleißig bilder auch andere zuschauer hatten sich aus perfiden vergnügen ihre kameras mitgenommen und das hellerlich blendete draco in den augen sodass er sie zukneifen musste aber durch das blitzlicht gewitter schien die leute nur noch mehr angestachelt zu werden denn die ersten schoben sich von ihren bänken oder wurden entsprechend angerempelt und geschoben der aura neben draco welcher ihn aus der zelle geholt und mit ihm bis zu der verhandlung gewartet hatte packte draco schmerzhaft am arm und löste mit dem schlenker seines stabes die fesseln um seine fuß und hand knöchel er hielt den zauberstab erhoben und draco erkannte das leichte flimmern eines protegos zu seiner rechten auch gabriel schien die gefahr einer massen panik erkannt zu haben denn er stand neben seinem herrn und beide hatten ihre zauberstäbe gezogen obwohl nun einige der zauberer zu schreien begann und ein teil von harry weg strebte während der andere teil zu harry hin wollte wurden immer mehr zauberstäbe gezogen und die auroren interessierten sich auf einmal so gar nicht mehr für harry welcher immer noch als einziger ruhig in dem meerauswogendem leibern stand ein zauber peitschte durch die luft und der aura riss draco so heftig am oberarm dass draco ins straucheln geriet aber der fluch ihn verfehlte ob es jemand mit absicht getan hatte oder ob es nur ein versehen gewesen er schien zu glauben dass jemand die lage ausgenutzt hatte um sich an draco stellvertretend für irgendein anderes verbrechen zu rächen er zog draco mit sich und schuf ein schild um sie beide während er sich langsam zu der tür schob durch welche sie eingetreten waren als er sie erreichte hörte draco einen alarm losgehen und der aura riss die tür auf und zehrte draco im laufschritt neben sich her zurück in die kleine kammer in welche er draco stieß die tür verriegelte und dann schwer atmend daneben gelehnt stehen blieb hinter der tür hörte draco rufe und an fuß getrampel ehe es wieder ruhiger wurde was passiert jetzt forderte draco zu wissen der aura war eindeutig zu seinem schutz abgestellt worden denn immerhin wollten sie draco und askabahn vermodern sehen und nicht blutend in einem gerichtssaal krepierend würde schließlich kein gutes licht auf die feine zauberer gesellschaft werfen sie wurden zum einen nicht rechtskräftig verurteilt zum anderen denke ich nicht dass ich sie hier lassen werde es gibt bestimmungen für solche fälle und ich werde sie nun sicher verwahrt nach askabahn bringen bis sich alle wieder beruhigt haben und das weitere vorgehen geklärt wurde askabahn dweck überlegte ob er heulen oder schlicht einen ohnmachtsanfall vortäuschen sollte der aura schien zu sehen was sich in dweck abspielte denn er lachte nur leise auf und sagte dann wollen sie jetzt wirklich in eine zelle im ministerium sitzen zu welcher jeder schreibhansel zugriff hat ich denke dass askabahn vorübergehend eine bessere lösung ist dweck entschied sich dagegen dem idioten zu sagen wie sehr er doch daneben lag zusammen warteten sie noch einige augenblicke dann führte der aura dweck hinaus nicht wieder auf den gang zu dem gerichtssaal sondern durch eine andere tür auf die schlichten schmugglosen gänge hinaus ihnen kam niemand entgegen und zusammen apparierten sie auf den dafür vorgesehenen punkt nach askabahn dweck musste nicht hochsehen um zu erkennen dass er zurück war es roch nach algen salz und nasser erde es roch nach askabahn kleiner melfoy sagte die wache die draco übernahm das ging ja echt zackig er wandte den blick von draco ab zu dem auroren wie lange hat er bekommen er ist nicht verurteilt worden davor kam was dazwischen hirrte draco sich oder hörte sich die stimme des auroren belustigt an mist kerl dazwischen gekommen fragte der werter neugierig ungeduldig winkte der aura ab er ist zu seinem eigenen schutz hier steckt ihn in eine zelle aus der du ihn zackig wieder raus bekommst ach und thompson es werden recht schnell erohren und andere leute herkommen die sicher die ein oder andere frage haben deswegen sagt den arschlöchern die sich deine kollegen schimpfen dass sie ihre griffel von ihm lassen sollen sollte ich von ihm auch nur ein pieps der klage hören dann schneide ich den schwuchtel in den schwanz ab ich bin ihm zugeteilt und ich mag es so gar nicht wenn ihr hier in amputierten arschlöcher hand an meine gefangenen legen haben wir uns da verstanden unwillig knurrte der werter der thompson hieß ob mit vor oder nach nam wusste draco nicht aber ein überlegen grinsen schlich sich auf dracos gesicht das waren doch ausnahmsweise mal gute neuigkeiten doch dann erlosch seine gute laune wieder als der aura sich abwarnte und durch das tor nach draußen verschwand wo geradezu höhnisches gutes wetter herrschte der wächter thompson machte sich auf den weg den gang hinunter und draco stolperte vor ihm her sie kam in einen kleinen raum und draco bis die zähne fest zusammen hier drin hatte er sich ausziehen müssen und der werte hatte er verbot sich jeglichen weiteren gedanken daran gelangweilt deutete der werte auf die mitte des raumes und draco folgte dem ausgestreckten zauberstab arme über den kopf verbissen hoffte draco dass der mann nicht bemerkte wie sehr seine hände vor angst vor dem kommenden bebten langsam drehen kam der nächste befehl und draco hießen er drehte sich auf der stelle wie eine affige ballerina aus den schatullen wie sie kleine mädchen besaßen fehlte nur noch eine schlechte nervtötende musik mit komm verdutzt blickte draco den werte an der in der tür stand und ihn mit sich winkte sie schlugen den weg zu dem zellentrakt ein und draco holte dankbar tief luft also freu dich drauf wenn du lebenslänglich hier landest ich werde freiwillig deine wöchentlichen reinigungen übernehmen gelassen drehte draco sich dem wächter zu er legte all seine arroganz in die folgenden sätze die ihm geblieben war thompson richtig wenn ich hier wieder lande dann pass auf deinen zauberstab auf der werter lachte höhnisch auf selbst du solltest begreifen dass jeder starb mit einem schutz ich rede jedoch nicht von zauberei du scheinst zu vergessen dass so ein zauberstab ganz schon spitz ist und ich werde ihn dir durch deinen hals rammen wenn du mich jemals wieder anfassen solltest zischte draco ihm zu und sah mit vergnügen dass thompson kurz blass wurde ehe er draco an den schultern in seine zelle stieß die handfesseln traute er sich nicht draco abzunehmen und dann wartete draco er tat nichts anderes seine zelle war besser als die in der davor untergebracht worden war sie lag ein ganzes stück höher und deshalb wehte der wind das wasser nicht hinein und es tropfte auch nicht von den wänden natürlich war sie genauso spartanisch eingerichtet wie die vorherige er schimmelte an der decke unterm boden und draco legte sich nach kurzer zeit gegen die schneidende kälte die verdreckte decke um die schultern er bekam ein mittag essen das nach essen aussah und nicht nach brei mit ein wenig wand farbe aufgepeppt und einen ganzen krug wasser dazu die drohung des auroren schien früchte zu tragen oder es war inzwischen durchgesickert was harry ausgesagt hatte ein stückchen karotte fiel auf den teller zurück und draco starrte es an erst jetzt kam ihm der gedanke dass harry oder hatte er das nicht aber wieso sollte harry es sonst sagen dass er es war wenn nicht um draco zu schützen wo war harry jetzt sicher wurde er unter veritas herum befragt und dann würden sie draco wieder vor gericht schleifen und ihn verurteilen und wenn nicht was wenn harry sich weigerte das serum zu nehmen wenn sie draco freilassen würden und harry unschuldig in askaban landen würde die todesser hassten draco aber harry wollten sie bluten sehen qualvoll dahin siechen sie wollten ihm jeden finger und fußnagel einzeln ziehen ihm stückchenweise den penis amputieren und ihn dazwingen sich selber zu essen draco schob die gabel auf den teller zurück der appetit war ihm gründlich vergangen wie hatte er nur so blauäugig sein können und denken dass für keinen ärger bekam er hatte gedacht dass harry damit zeit schinden wollte granger und der riesengroße ratte eine möglichkeit geben dass sie sich noch mal um sahen was sie natürlich jetzt auch machen würden und so lange würde harry stur behaupten dass er es gewesen war so ein dämlicher bergtroll doch draco konnte keine verärgerung verspüren nur tiefe zuneigung noch nie hatte jemand außerhalb seiner familie so etwas dummes und törichtes und gleichzeitig ehrenvolles für ihn getan der tag verstrich und niemand kam um ihn etwas zu fragen wie der aura es prophezeit hatte selbst wenn es nur ein trick gewesen war so war draco ihm unheimlich dankbar denn unter diesem vermeintlichen schutz nickte draco immer wieder ein das abendessen erschien und draco asses komplett auf ehe er dem tag dabei zusah wie er verblasste er sich die decke umschlang die beine anzog und dann als er kaum noch etwas erkennen konnte einschlief kleiner melffoy draco schreckte zusammen sein herz raste und an seinen steifen gliedern glaubte er ablesen zu können dass es schon ziemlich spät sein musste aufstehen mit kommen befahl ihm eine barsche stimme und draco beeilte sich der aufforderung nach zu kommen der werter legte ihm eine hand unter den arm und dirigierte ihn aus der zelle wohin gehen wir fragte draco und widerstand der versuchung sich weg zu winden klappe kleiner melffoy wie spät ist es wagte draco zu fragen und sofort erhielt er die erboste antwort drei uhr früh da war wohl jemand aus seinem nickerchen gerissen worden draco stolperte fast die treppen hinunter als sie plötzlich aus der dunkelheit vor ihm auftauchten er war noch so verschlafen dass er nicht mitbekommen hatte in draco spielte um sich herum konnte aber nicht sagen wo sie waren und was ihr ziel war zusammen betraten sie einen kargen raum der bis auf einen tisch leer war der werter ließ draco los schwang sein stab durch die luft und auf dem tisch erschien eine genauso schlichte und triste graue schachtel das konnte nichts gutes bedeuten und draco machte einen kleinen Schritt zurück doch der werter packte ihn wieder am oberarm und zog ihn zu der schachtel mit einem weiteren schwung seines stabes entfernte er die ketten und drückte draco dann die schachtel in die hand die ziemlich leicht war was sollte das werden ein neues perverses spielchen um seine psyche zu manipulieren unruhig hielt draco die schachtel so weit von sich weg wie es nur ging mit kommen kurz überlegte draco sich ob er sich weigern sollte entschied sich dann aber dagegen und folgte dem Mann wieder nach draußen den Gang zurück bis sie vor einer grünen Türe zum stehen kam mit dem Fuß stieß der Wärter diese auf und schob Draco hinein sie befanden sich auf der kranken station und Draco sah sich dem heiler gegenüber der ihm die nadel in den kopf gestoßen hatte seine hände begannen so heftig zu zittern dass ihm fast die schachtel aus den händen glitt nun war er sich sicher dass sie ihn weiter quälen wollten stellen sie die schachtel da auf den tisch und dann legen sie sich mit dem bauch auf die liege wies der heiler ihn an und der werte machte er sich auf einem der stühle bequem einen scheiß würde er machen ich verzichte der heiler verdrehte die augen er schien mit renitentem verhalten erfahrung zu haben denn er schwang seinen stab in dracos richtung dem die kiste aus den händen rutschte und der gelähmt zu der liege schwebte draco konnte sich nicht mehr bewegen und war gezwungen wieder die verhasste blaue unterlage anzustarren während der heiler hinter ihm vergnüglich pfiff und sich an dracos nacken zu schaffen machte schmerz flammte in dracos kopf auf und seine ohren begann zu rauschen ihm schossen die tränen in die augen und wenn er gekonnt hätte er geschrien aber so war er wieder dazu verdammt qualvoll auf dem bauch zu liegen in das weich starren zu müssen das sich vor seinen augen explosionsartig ausgebreitet hatte und konnte nichts tun als innerlich zu flehen dass es endlich aufhörte auf einmal hatte er wieder die kontrolle über seinen körper die qualen ließen langsam nach und er spürte sein eigenes blut sein kinn hinunter laufen er wimmerte auf strich sich mit einer hand über die tränen nassen augen und fühlte wieder eine hand die ihn aus der liegenden position hoch zog dann drückte ihm jemand die schachtel in die arme welche er zitternd umschloss während er der führenden hand hinterher stolperte der schmerz in seinem kopf verklang wieder und auch sein nacken blutete kasten eigentlich ekelte er sich vor sich selber als er seinen rotz hoch zog und dann schluckte seine mutter würde in ohnmacht fallen und ihm dann eine predigt über anstand und benehmen halten die er nie wieder vergessen würde auf einmal wünschte er sich dass seine mutter hier wäre ihn in den arm nahm und ihn tröstete die ganzen letzten jahre und auch die Zeit in Asgaban hatte er nicht oft an sie gedacht aber jetzt wollte er sich schlicht irgendwo anlehnen und einfach still zusammen brechen sie gingen um eine ecke und Draco hob den kopf als er leise schmatzende schritte hörte er kniff die Augen zusammen um etwas in dem dunklen Gang sehen zu können ein weiterer Wärter kam auf sie zu und Draco biss wieder fest die Zähne zusammen und umschlang den Karton in seinen Arm bis er das helle Aufblitzen von Brillengläsern sah er blieb abrupt stehen dass nun die Wache neben ihm in Straucheln geriet und dann wie ein Kesselflicker fluchte Harry ging an einer Fackel vorbei und sein Gesicht wurde kurz erhellt ehe er bei den beiden zum stehen kam er entfachte ein Lumos an seinem Zauberstab und übernehme gut ich wünsche ihnen dennoch eine recht angenehme Nacht Mr. Potter Teil 59 Der Wärter tippte sich als Abschied mit zwei Fingern gegen die Stirn und wandte sich ab kurz verspürte Draco den Drang mit ihm zu gehen so wie er immer mit den Wachen mit gehen musste aber es kam kein Ruck an seinem Arm verdutz blickte er in das Gesicht des Helden der ihn anstrahlte als ob er gerade ein Lutscher gewonnen hätte komm bevor Draco fragen konnte was hier los war und seine Hand schob sich viel liebevoller unter seinen Unterarm mit ein wenig Nachdruck dirigierte er Draco zu dem Tor welches Harry problemlos öffnen konnte und damit Draco zusammen in die klare aber dafür eisige stille Nacht trat Draco blickte sich um und atmete tief durch es war eine Erleichterung dem Geruch nach Schimmel und Fäulnis zu entgehen Harry fragte er und bekam daraufhin wieder ein strahlendes Lächeln geschenkt der Held sah absolut abgekämpft und erschöpft aus seine Haut wirkte bestenfalls käsig und er hatte tiefe Augenringe aber er schien voller Elan und Tatenkraft ohne Antwort zog Draco weiter bis dieser zwischen dem Apparierpunkt und der Mauer von Asgaban beide Füße in den Boden rammte und stehen blieb und im inneren konnte Draco schwach blutverklebte Kleider und einen weißen länglichen Gegenstand ausmachen seine Kleider in denen er festgenommen worden war und sein Zauber starb sie hatten ihm seine Sachen wieder zurück gegeben wenn Harry ihn nicht gehalten hätte dann wäre er sicher zusammengesagt denn seine Knie gaben kurz nach ist es vorbei flüsterte Draco tonlos ja Draco es ist vorbei wir gehen jetzt nach Hause ohne wirklich etwas dagegen tun zu können suchte Draco automatisch den Kontakt zu Harrys Körper er lehnte sich wie betäubt gegen ihn sofort umschlang Harry ihn mit seinen Armen drückte ihn an sich und Draco vergrub sein Gesicht an Harrys Hals während er seine Hände in Harrys Mantel vergrub er ließ sich von ihm halten tröstend über den Rücken streichen und nahm die leisen beruhigenden Worte wahr die Harry ihm immer wieder zuflüsterte als Draco sich der Nässe in seinen Schuhen gewahr wurde löste er sich von Harry der ihn sorgenvoll musterte als erwartete er dass Draco gleich wieder zusammensacken würde hob dann die Schachtel hoch und zusammen gingen sie zu dem Apparierpunkt Harry nahm Draco bei der Hand schloss die Augen und sie schlugen im Männer auf er sprach Draco nicht darauf an dass sein Hals und Kragen verdächtig feucht waren Mr. Draco Malfoy Sir fiepte seine Hauselfe aufgeregt und nahm Harry den Umhang und die Schachtel ab hast du alles vorbereitet fragte so enthusiastisch dass ihre Ohren schlackerten Eigentlich wollte Draco Harry fragen was er um drei wahrscheinlich schon vier Uhr morgens vorbereitet haben wollte doch dann hörte er ein Mauzen und etwas sprang an ihm hoch bohrte die spitzen Krallen in seine Beine und den Bauch und kam schließlich an Dracos Hemd zum Stehen An ihm hing Jumenta mauzte laut auf und Draco schloss die mummelte er und hörte selber wie belegt seine Stimme klang hey kleines Rindvieh als Antwort schnurrte der Kater drückte das Köpfchen gegen Dracos Hals und schnurrte noch lauter auf als Draco dem Tier über den Rücken strich ich hab dir doch gesagt dass ich ihn wieder hierher bringe sagte Harry und streckte die Hand aus um auch über Jumentas braunes Feld zu fahren doch der Kater wandte sich blitzschnell um fauchte erbost und verpasste Harry einen Kratzer quer über die Hand au fluchte er und zog sie sofort zurück musterte die striemen funkelte Jumenta dann an ehe er sich erbost an Draco wandte hast du das gesehen er hat mich gekratzt ich hab nichts gemacht und er hat mich einfach so gekratzt soll ich pusten neckte Draco Harry und fuhr dem Kater unter das Kinn was dieser mit einem lauten schnurren quittierte ja Harry streckte die Hand aus Draco seufzte leise auf pustete Harry über den Kratzer und bewegte gleichzeitig minimal die Finger sofort schlossen sich die drei kleinen Wunden wieder kämpfte Draco mit den Tränen er konnte wieder zaubern seine Magie war nicht mehr gelähmt in seinem Kopf gefangen sondern er konnte sie wieder spüren unterschwellig hatte er die ganze Zeit Angst gehabt dass sie sein Magie Zentrum verletzt hatten und er nie wieder auch nur einen Spruch benutzen können würde verdammt sein ein Leben als Script zu führen er presste Jumenta enger an sich und ging dann dass Harry seine feuchten Augen nicht sehen konnte die Treppe nach oben Harry folgte ihm mit einigem Abstand und Draco strebte sein Zimmer an doch Harry hielt ihn auf ich habe noch etwas für dich gehorsam ließ Draco den Kater auf den Boden springen welcher sich kurz an seinem Hosenbein rieb und dann vor ihnen her durch den Flur lief Jumenta und Harry führten ihn zu dem großen Bad welches hell erleuchtet war und die große Badewanne aus Zink Was sollte das werden Wollte Harry jetzt ernsthaft mit ihm baden Jetzt um fast 4 Uhr morgens Harry schien zu bemerken was Draco sich dachte denn er begann vorsichtig Dracos Jackett zu öffnen und sagte ihm Ich hab dich gefragt was du als erstes machen möchtest wenn du hier raus bist du hast gesagt ein Schaumbad ein Steak das bringt Lacey dir gleich und die teuerste Vorsichtig schob Harry ihm das Hemd von den Schultern und Draco packte nun Harrys Hände Ich kann das alleine Ich weiß aber mir macht es Spaß dich auszuziehen Trotzdem behielt Harry seine Hände bei sich setzte sich mit dem Rücken zu Draco auf den Boden in die Nähe von Jumenta welche es sich auf dem kleinen Teppik vor der Wanne bequem gemacht hatte Er sah erst dies und kurz die Augen schloss Das war der Himmel auf Erden Hier sagte Harry und reichte ihm ein Glas Wein Draco nahm es an kostete und bemerkte keinen Unterschied zu einem Wein der nicht mit Flüchen gesichert war Allerdings genoss er es eine Geldanlage auszutrinken Denn sicher war dieser Wein niemals zum Trinken bestimmt gewesen Aber das war Draco egal Er reichte das Glas an Harry der es nahm daran roch und dann einen schluck nahm während er es sich auf dem Wannenrand gemütlich machte Eine sehr feine Note und wirklich gut im Abgang Draco öffnete die Augen wieder und musterte Harry der das Glas anstarrte als ob es ihm dann sagen würde nach was es eigentlich schmeckte Wieder schloss Draco die Augen rutschte ein Draco fragte Harry nach kurzer Zeit und hielt in seinen Händen einen Teller mit einem wirklich köstlich duftenden Steak neben Bohnen Kartoffeln und zwei Stücken Brot Seine Erziehung war Draco in dem Moment egal denn er riss Harry den Teller aus der Hand ließ ihn mit einem Zauber neben sich in der Luft schweben und machte sich mit Messer und Gabel darüber her Merlin das war das Beste das er jemals in seinem ganzen Leben gegessen hatte obwohl er eigentlich keinen Hunger verspürte aß er das Steak fast bis zur Hälfte auf und blickte dann zu Harry dem nur noch ein Sabberfaden aus dem Mundwinkel triefen musste um das Bild eines hungrigen Helden zu vervollständigen willst du auch eifriges nicken des Helden und Draco reichte ihm sein Besteck weiter er legte seinen Kopf auf den Wannenrand und beobachtete Harry dabei wie er ausgehungert Steak Bohnen Kartoffel und die beiden Brote verputzte sicher hatte er seit heute Morgen nichts mehr zu essen bekommen was ihn nachdem er alles bekommen hatte was er wollte zur nächsten Frage brachte Draco setzte sich auf und Harry der gerade den Teller auf den Boden gestellt hatte blickte ihn an was ist passiert fragte Draco wieder und Harry begann bereit zu grinsen willst du das nicht lieber morgen wissen und jetzt schlafen gehen leck mich schnauzte Draco ihn an ich habe meine Magie wieder voll unter Kontrolle und jetzt rede sonst hole ich mir mein ganz persönliches Fläschchen Veritaserum mit einem Akio und kippe es dir in den Hals natürlich lachte Harry darüber nur streckte die Hand aus und fuhr Draco mit den Fingern über die Wange bis zum Kinn willst du alles wissen kurz vor Harry stand auf streckte sich und begann sich dann auszuziehen was Draco mit einem hochziehen der Augenbraue quittierte was wird das ich habe mich seit russland nur mal kurz geduscht ich will auch mal wieder baden weh nein du kommst hier nicht rein ich will doch keinen ungewaschenen dreckigen Auroren in meinem Badewasser den Rest musste Draco gar nicht mehr sagen weil Harry sich aufsäufzend ins Wasser gleiten ließ Draco bedachte ihn mit einem finsteren Blick zog die Beine ein wenig an obwohl hier auch die ganze Wiesel Familie reingepasst hätte passen würde es zwar nur wenn man stapeln würde aber die Wanne war groß genug für zwei Erwachsene wenn man keine Berührungsängste hatte oh Malfoy hör auf so zu gucken als ob ich dir deine Lieblingspuppe geklaut habe maulte Harry und begann dann weiter zu sprechen obwohl Draco ihn gerade darüber aufklären wollte dass das hier sein Todesser Blick war du hast vielleicht mitbekommen dass ein ziemliches Chaos ausgebrochen ist aber sie haben mich dann recht bald in einen der Verhörräume geschleift ehe dann einige Auroren fragten warum ich das getan hätte warum ich lügen würde also sagte ich ihnen nochmal dass ich es war sie wollten Veritasierung verwenden aber ich verweigerte es tja und weil du es abgestritten hast und nur Indizien gegen dich vorlagen ich es zugab mussten sie mich also in eine ihrer Zellen stecken ich denke dass sie dann ziemlich Panik bekommen haben auf einmal wurde die Akte wieder geöffnet und Hermine hat mir gesagt dass jeder noch so kleine Schreibtisch Zauberer auf den Fall angesetzt wurde sie haben den Laden von deinem Chef ziemlich auseinander genommen alles abgesucht um etwas für meine Unschuld zu finden in diesem Zuge nahm sich dein Chef Underwood Draco nickte kurz zustimmt Underwood nahm sich Hermine beiseite er sagte ihr dass er sich seine Bücher vorgenommen hat zwei seiner Mitarbeiter sind schließlich ausgefallen und er musste schauen wie viele Daueraufträge ihr habt und so weiter ich habe da nicht so genau zugehört kennst ihr Hermine gut gelaunt zwinkerte Harry Draco zu der ihm sagen wollte dass er Granger nicht wirklich kannte nahm sich die Weinflasche und füllte nun auch das zweite Glas auf er nahm einen Schluck und fuhr dann fort auf jeden Fall hat er ihr erklärt dass ihr ein System habt bei welchen die eingehenden Bestellungen auf einem dass sie nachbestellt werden können plus einen Betrag x wegen dem Verschnitt falls ihr euch verbraut oder die Zutaten kaputt gehen wieder nickte Draco Gedanken versunken während er an Harrys Lippen hing Dein Chef hat also zu Hermine gesagt nachdem er ihr das erklärt hat dass Woman und die Haarwelle Deppen sind weil sie sich ständig verbrauen Draco brummte zu stimmt und Harry kicherte leise in sein Glas Ich dachte ja dass Muffel gut ist aber Haarwelle übertrifft alles Wo war ich ach ja Deinem Chef ist bei der Sichtung der Bücher aufgefallen dass einige wertvolle Zutaten aber niemand einen entsprechenden Trank bestellt hatte Harry ließ den letzten Satz in der Luft schweben und Dweco schloss die Augen er rieb sich über sein Gesicht und mummelte dann in seine Hände sie haben Zutaten gestohlen oh aber nicht Bimsenkraut oder ein paar Käfer Augen kurz war Dweco versucht ihm zu erklären dass es kein Bimsenkraut gab und er sich Bimsenkraut meinte aber vergeudete Lebensmühe und Zeit war da Harry es sich eh nicht merken könnte sie haben die teuren Zutaten gemopst Goldklumpen Drachenschuppen Einhornblut Akkumandler Gift ich weiß nicht warum sie sich gestritten haben aber der Woman hat Havel einen netten kleinen Fluch aufgehalst und ist dann abgehauen als er dich kommen gehört hat er ist vorne aus dem Laden raus und zurück in die Gasse appariert um dich dann zu erwischen ich habe aber seine Erinnerungen gesehen wir alle haben seine Erinnerungen gesehen da sieht man wie er die Tür öffnet und Draco unterbrach sich selber Harry hatte recht mehr sah man nicht nur wie er ankam aber nicht was er davor gemacht hatte ich habe seine ganzen Erinnerungen gesehen die die wiederhergestellt worden sind er hatte zwei Wochen Zeit um sie zu verändern aber für die Experten war es kein Problem die Auroren die ihn befragt haben haben sich nur die Erinnerung zeigen lassen wie er dich gefunden hat sie hatten dich schon und wollten nur das sehen wie er dich gefunden hat alles andere war ihnen egal Harry schwieg und Raco tat war es also gewesen der eine hatte den anderen umgebracht wegen ein paar Zutaten die sie auf dem Schwarzmarkt verkauft hatten wenn sie vorsichtiger und nicht so dämlich gewesen wären dann hätten sie darauf geachtet ob der Trank mit den entsprechenden Zutaten geordert worden war hätten sie ihren Grips eingesetzt dann würde Draco jetzt verurteilt in Asgaban sitzen er dankte gerade allen Göttern Mogelgöttern altgermanischen Göttern den griechischen Göttern und sonstigen Göttern dass die beiden so hohl waren dann dankte er im stillen seinem Chef dass es ihm aufgefallen war und schließlich noch ganz ganz leise Granger langsam erhob Draco sich aus dem Wasser und Harry blickte ihn von unten her an Draco schnappte sich ein Handtuch trocknete sich penibel ab und schlang er sich um seine Hüfte hatte und Draco hinterher starrte ohne ihn anzusehen sagte Draco wenn du deine Schuppen und Kiemen wieder weggezaubert hast dann komm doch ins Bett damit ging er raus hörte aber noch sehr genau wie schnell Harry aus der Wanne sprang und sich hektisch begann abzutrocknen Teil 60 das Kratzen einer Feder auf einem Pergament riss Draco unsanft aus seinem Dämmerschlaf in welchem er sich befand er war noch nicht richtig wach gewesen und hatte es genossen die warme Decke und den Geruch nach Holz wahrzunehmen während sein Kopf noch nicht richtig lief und er zwischen Traum und Realität dahin dümpelte gestern Abend beziehungsweise heute Morgen hatte Harry sich an ihn geschmiegt sobald er ins Bett geschlüppt war oder besser gesagt er hatte Draco eng an sich gezogen hatte ihn mit beiden Armen eng an seinen Brustkorb gezogen und Draco hatte seine kalten Füße an die Waden des Helden drücken können der kurz erschaudert war aber sich als Wärmequelle missbrauchen gelassen hatte innerlich seufzte Draco auf wurde wacher und öffnete die Augen neben ihm saß Harry er nuckelte an einer Feder welche Draco als seine identifizierte hatte die Stirn gerunzelt und auf seinem Schoß befand sich ein ganzer Berg an Akten wie Draco sie zuhauf im Ministerium gesehen hatte helles Sonnenlicht flutete den Raum und Dracos Blick huschte zu den Zahlen auf seinem Nachttisch es war fast 15 Uhr was den leeren Teller auf Harrys Seite die Flasche Wasser und die Tasse erklärte aus der es verdächtig dampfte Kaffee fragte Draco und Harry schrag heftig zusammen das Tintenfass welches er zwischen seinen Knie geklemmt hatte rutschte dazwischen hervor und die Tinte drängte die Decke auf der Harry saß du bist wach antwortete Harry fahrig und schwang seinen Stab um das Malheur zu beseitigen eine Feststellung die deinem Beruf als Auror wirklich zur Ehre gereicht sonst hätte ich wohl sicher nicht gefragt ob das Kaffee in deiner Tasse ist Draco setzte sich auf und neben ihm sprang Jumenta auf das Bett der Kater schnurrte rieb sich an Dracos bloßer Brust setzte sich vor ihn hin und maunste ihn an guten Morgen murmelte Draco ihm zu und strich Jumenta über den Kopf und den Rücken hinunter belohnt wurde er mit einem noch lauteren schnurren und Jumentas Krallen in seiner Bettwäsche welche Fäden zogen hier sagte Harry und hob Draco seine Tasse mit Kaffee hin Draco nahm sie an und Harry zog sofort die Hand wieder zurück welche er nach Dracos Schulter ausgestreckt hatte als Jumenta ihn anfauchte und mit der Pfote durch die Luft fuhr Du Rindvieh zischte Harry leise und starrte den Kater auf Dracos Schoß an Er musterte das Tier mit zusammengekniffenen Augen und streckte ihm dann die Zunge raus Sehr erwachsen Potter gab Draco nur zurück und betrachtete die Tasse in seiner Hand Eigentlich würde er zu gerne einen Reinigungszauber daraus sprechen Am besten auch gleich noch auf den Kaffee der sich darin befand aber irgendwie glaubte er dass Harry das nicht sonderlich gut aufnehmen würde Zudem hatten sie bei den ganzen Küssen schon mehr Speichel ausgetauscht als dass er sich jetzt ekeln sollte Also nahm er todesmutig einen Schluck und stellte fest dass es schlicht nach Kaffee schmeckte Harry widmete sich wieder seinen Akten und Draco beschränkte sich darauf die Tasse leer zu trinken und Jumenta zu streicheln ehe Harry seine Akte zuschlug und dann aufstand Geh du duschen und ich schau mal ob ich uns was zu essen auftreiben kann Draco war zu verschlafen um Harry darauf hinzuweisen dass er nur die Hauselfe rufen musste und ließ ihn deswegen mit einem Arm voller Akten den Raum verlassen Haare auf Muggelart zu waschen sich von oben bis unten mit Duschgel einzureiben ehe er sich seit gefühlten Monaten seinem Reinigungsprogramm zuwandte er rasierte sich benutzte danach alle seine Cremes und Salben ehe er sich Maniküre und Pediküre zuwand zu guter Letzt schnitt er sich die Haare kürzer als er sie sich das letzte Mal gekürzt hatte hatten seine Willer Hormone verrückt gespielt Es war nach der Nacht gewesen nachdem er Harry auf dem Schlachtfeld gerettet hatte und am nächsten Morgen beim Frühstück waren sie peinlicherweise wieder gewachsen Etwas das seither nicht mehr vorgekommen war Sie waren nicht sonderlich viel länger geworden aber es fühlte sich gut an die blonden Strähnen zu Boden fallen zu sehen Es hatte etwas Befreiendes die Haare los zu werden welche in Asgaban so oft von den verschiedensten Leuten berührt worden waren Als Draco in das Esszimmer kam legte Harry den Propheten zur Seite in welchem er gerade gelesen hatte Hasch drehte er ihn um sodass Draco die Titelseite nicht sehen konnte Ruhig schritt Draco durch den Raum und blieb neben Harry stehen Er streckte die Hand danach aus und sofort legte Harrys Arm sich auf die Zeitung Das willst du nicht lesen mahnte er ihn doch Draco dachte nicht daran auf Harry zu hören Er zog an der Zeitung während Harry den Arm fester darauf drückte bis Harry schließlich nachgab und Draco sich neben Harry an die Stirnseite des Tisches setzte Ich will sehr wohl lesen was die Idioten mir wieder andichten Schreiben sie dass ich vor dir auf die Knie rum rutsche und um Strafe bettele Nun begann Harry zu erröten und neigte leicht den Kopf zur Seite Schlimmer Schlimmer Ich holte Draco gequält und drehte die Zeitung komplett um Harry Potter rettet Unschuldigen Stand in großen Buchstaben auf der Titelseite Darunter war ein Bild von Harry wie er in dem Gerichtsraum in einer Masse aus Menschen stand welche vor ihm weg strebten und daneben ein sehr viel kleineres Bild von Draco wie er auf dem holzernen Stuhl vor dem Gammert saß beide Arme festgebunden und sich nicht rührte Es hatte etwas von einer Mogelfotografie wenn der Draco auf dem Bild nicht ab und an blinzeln würde Gestern stellte Harry Potter wieder unter Beweis dass man ihn zu Recht als Helden verehrt Bei der Gerichtsverhandlung von Draco Malfoy ehemaliger Todesser und eingetragene Wieler kam es zum Eklat Malfoy wurde für den Mord an Simon Havel verurteilt wir berichteten Als halbmagisches Wesen kann Malfoy nicht unter Veritaserum befragt werden Näheres auf Seite 4 Und so fällte das Gammert sein Urteil aufgrund von zwei Erinnerungen zweier die Apotheke gehörte in welcher Malfoy arbeitete Er zeigte dem Gericht seine Erinnerungen an einen Streit zwischen den Kollegen Malfoy Havel und Roman Als zweites wurde die Aussage von dem wahren Mörder Tom Roman gezeigt welche Malfoy knient bei dem toten Havel zeigte Malfoy der immer wieder beteuerte unschuldig zu sein und sich weigerte seinen Herrn zu nennen wäre sicher zur lebenslange Haft verurteilt worden Doch Potter stand auf bevor das Strafmaß verkündet werden konnte Er unterbrachte mit die Amsthandlung und sagte auf die Frage des Vorsitzenden warum er die Urteilsverkündung unterbrechen würde dass er selber Havel umgebracht habe Auf diese Aussage hin brach ein Tumult los und Malfoy wurde aus dem Raum gebracht Aus sicherer Quelle wissen wir dass Potter Malfoy im Zuge seine Arbeit als Aura immer wieder befragt hatte und so die Geschehnisse aus Malfoys Sicht erklärt bekam Potter hatte in den Todesser Prozessen für Draco Malfoy und dessen Mutter Narcissa Malfoy ausgesagt Narcissa Malfoy lebt seitdem im Exil und ihr Sohn hatte sich seit diesem Tag nichts mehr zu Schulden kommen lassen Durch sein beherztes Eingreifen bewahrte Potter das Gammort vor einem folgenschweren Fehler Potter Feind zu schützen und zwang die Arogen so sich wieder mit dem Fall zu beschäftigen Wollmans Aussage wurde noch einmal überprüft und die Experten der Arogen Abteilung stellten fest dass die Minuten bevor er Malfoy überraschte verändert worden waren Wollman wurde kurze Zeit später nach Asgaban gebracht wo er nun auf seine Verurteilung wegen Mordes wartet Harry Potter hat mit seiner wagen mutigen Aktion sich selber als Täter auszuliefern den unschuldigen Draco Malfoy vor einem Leben in dem Zauberer Gefängnis bewahrt Auch wenn früher an seiner Urteilskraft gezweifelt wurde da ihm niemand glaubte dass der dessen Name nicht genannt werden darf wieder auferstanden war ist er nun zu einem mächtigen Zauberer herangereift welcher sich nicht von Vorurteilen leiten lässt Ein junger Mann welcher am stärksten unter der Herrschaft von dem dessen Name nicht genannt werden darf gelitten hat Er hat seine persönlichen Antipathien hinter sich gelassen und das gesehen was Draco Malfoy wirklich ist Ein halbmagischer Zauberer der nur zur falschen Zeit am falschen Ort war Draco klappte der Mund wieder zu als er merkte dass er ihm beim Lesen aufgegangen war Die feiern dich als Helden stieß er dann tippte auf das Bild von ihm unwohl zuckte Harry mit den Schultern sie legen meine unbedachte Aussage ziemlich schräg aus langsam senkte Draco die Zeitung wieder und blickte dann auf das Essen welches die Elfen aufgetragen hatten ohne dass er es bemerkt hatte Harry nahm Dracos Teller belut ihn mit Essen kleckerte dabei auf das Tischtuch und stellte ihn dann vor Draco ab sehr wohl bemerkte Draco dass Harry sich selber sehr viel weniger auftat und sich dann hungrig darüber her machte Draco war allerdings der Appetit vergangen is bat Harry ihn nach einigen Augenblicken nachdem er gekaut und runter geschluckt hatte wie schnell werden sie rausfinden wie du zu mir stehst nicht alle werden glauben dass du aus einer nächsten Liebe gehandelt hast der ein oder andere wird sich da sein teil denken und eins und eins zusammen zählen sagte Draco und stocherte lustlos in seinem essen rum Nudel auf lauf wie er am rande bemerkte möglich aber die meisten glauben eben was sie lesen und selbst wenn was wäre daran so schlimm gut gut gelaunt und deutete mit seiner Gabel auf Draco ich habe das gemacht was ich als Aura eben mache ich habe dich aufgesucht und dir Fragen gestellt wie ich zu dir stehe ist dabei egal ich bezweifle dass die Presse das auch so sehen wird nun lachte Harry und tippte mit der Gabel auf die Titelseite heute lieben sie mich morgen hassen sie mich wenn ich mein Leben nach denen ausrichten würde dann wäre ich ein gestörter irrer der weggesperrt gehört oh und der einsame jugendliche der nicht mehr ein noch aus weiß und sich deswegen kopflos in Drogen gestürzt hat mach dir keinen Kopf um mich und iss jetzt deine Nudeln störe stocherte Draco in dem Auflauf herum und begann dann sein Name begeisterte in der Presse herum seit er ein halbes Jahr alt gewesen war jeder seiner Schritte wurde beobachtet meist mehr falsch als richtig interpretiert und dann breit getreten wenn es wirklich rauskommen sollte wie sie zueinander standen was Dweco sehr zu vermeiden versuchte dann würde es eine Welle der Empörung auslösen Teil 61 Den restlichen Tag und Abend verbrachten sie gemeinsam Harry erzählte noch mal die lange Version wo er überall nach dem Mörder gesucht hatte und was ihm dabei alles passiert war Dweco lauschte ihm die ganze Zeit da sich nach dem Essen eine wunderbare bleierne Schläfrigkeit in ihm ausgebreitet hatte und er Harry im Verdacht hatte dass sie ihm entsprechend etwas das ihn beruhigte ins trinken gekippt hatte zum Abendessen gab es selbst gemachte beziehungsweise Hauselfen ein Lächeln entlockte sie aßen sie vor dem Kamin auf dem Sofa und danach schriek Harry er hatte fast zwei Stunden lang durch erzählt und Draco fragte sich ob ihm nicht langsam die Zunge wehtun müsse Master Potter Sir wurde Draco bei seinen Überlegungen zu Harrys sicherlich schmerzendem Kiefer unterbrochen Lacey trat leise an das Sofa heran und trug einen ganzen Berg an Briefen und Pergament Trollen Post für Master Potter Sofort nahm Harry ihr die ganzen Briefe ab und platzierte sie auf dem Couchtisch vor ihn Was ist das? fragte Draco neugierig und musterte den Stapel Rate gab Harry nur zurück und hielt Draco eine rosa Pergament Rolle entgegen welche mit roten Herzen verziert war Fan Post ruckartig bevor Harry seine Hand zurückziehen konnte zog Draco Harry die Rolle zwischen den Fingern hervor und öffnete sie in einer sehr sorgfältig geschriebenen Handschrift stand da Lieber Mr. Potter ich heiße Lindsay und bin 13 Jahre alt ich habe in der Zeitung gelesen was sie getan haben ich finde das sehr mutig denn der Drago Marvloy war ja mal ziemlich gemeint zu ihnen aber ich denke dass sie das Richtige gemacht haben weiter kam Draco nicht da Harry welcher mitgelesen hatte neben ihm kicherte und dann auf das Drago Marvloy tippte seine Hand blitt von dem Pergament und legte sich auf Dracos Unterarm kurz blickte Draco Harrys Hand auf seinen bloßen Arm an dann überflog er den restlichen Brief sie will dich heiraten schloss er dann und sah zu Harry hoch oh das ihnen ist klar dass du mit der Kröte zusammen bist warst korrigierte Draco sich dann rasch selber ein kurzer Schatten huschte über Dracos Gesicht dann strich er Draco sanft über den Unterarm und nahm sich einen weiteren Brief sie denken dass sie besser zu mir passen Draco schnaubte entrüstet muss ich mehr Sorgen machen nun lachte Harry wieder laut auf und drehte sich zu Draco zurück aber ja doch Draco gegen die 13 jährige Ashley hast du sehr schlechte Chancen auch wenn sie sich gerade nur neckten spürte Draco doch dass ihm eine leichte Last von den Schultern genommen wurde wenigstens würde Harry ihn nicht für eine 13 jährige sitzen lassen war doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung soll Harry der Draco schweigen wohl falsch interpretierte Draco schüttelte den Kopf schnappte sich den nächsten Brief und begann ihn zu lesen kurze Zeit später kicherten sie beide wie Teenager über die teilweise sehr plastisch ausformulierten Briefe mit den noch sehr viel plastischeren Geschenken darin am Ende hatten sie eine Schachtel Pralinen zwei Unterhöschen eines davon schon mal getragen und eine Rose welche niemals verwelken würde wenn sie mir wenigstens Sachen schicken würden die ich brauchen kann Socken zum Beispiel maulte Harry und schnippte den Stringtanger ins Feuer schon wieder musste Draco leise lachen dann lehnte er sich zurück kurz zögerte er dann ließ er sich gegen Harry Schulter sinken sofort spürte er wie Harry sich leicht verkrampfte und kurz fürchtete er dass Harry ihn von sich schieben würde aber nichts dergleichen geschah fast schon schüchtern legte Harry eine Hand auf Dracos Nacken und strich ihm sanft über die Haut wie geht es dir fragte er dann nach einigen Augenblicken satt sagte Draco nachdem er fast eine Minute über die Antwort gegrübelt hatte aber es betraf seinen Zustand am besten er war satt ihm war mollig warm und er fühlte sich so sehr geborgen dass es fast schon wieder eine Welle Übelkeit in ihm auslöste neben ihm lag Jumenta und wärmte ihm sein Bein auf der anderen Seite saß Harry der nun wieder sanft über seinen Nacken strich Aufwachen tat er in seinem Bett Harry hatte sich seinen Schreibtisch heraufbeschworen und arbeitete daran während ihm die Sonne in den Nacken schien gestern Abend war er einfach eingeschlafen nur noch schäbenhaft konnte er sich daran erinnern dass Harry ihn geweckt und ins Bett geschafft hatte morgen sagte Dweco und richtete sich auf Harry sah von seiner Akte hoch und lächelte ihm zu guten morgen frühstück steht schon bereit ich wollte dich eh gleich wecken zusammen saßen sie beieinander frühstückten schweigend bis Lacey die Zeitung brachte zwei Stück wie Dweco wohlwollend bemerkte natürlich brachte seine Hauselfe Harry zuerst den Propheten und Harry warf einen Blick darauf keinen Augenblick später riss er Dweco seine Zeitung aus der Hand nicht augenblicklich verspannte Dweco sich als er den Befehl in Harrys Stimme hörte er biss die Zähne zusammen als er schon die Hände sinken lassen wollte wage es nicht schnauzte er Harry an gib sie mir sofort auch Harry schien zu bemerken dass er mal wieder seine Position ausgenutzt hatte Dweco sah wie er mit sich selber rang dann streckte er Dweco die Zeitung hin nahm seine eigene und seine Augen huschten über den Text innerlich wappnete Dweco sich aber was konnte schon so schlimm sein dass Harry es ihm verbot da gab es eigentlich nur eine Sache Harry Potter ist Dweco Malfoys Herr unter dieser Überschrift war ein Foto angebracht Dweco runzelte die Stirn und besah es sich genauer es war ziemlich dunkel und erst als sich etwas auf dem Bild bewegte erkannte er zwei Gestalten es waren zweifellos er und Harry und als sich Dweco den Hintergrund genauer betrachtete dann wusste er auch wo es aufgenommen worden war auf der Gefängnis Insel Azkaban als Harry ihn abgeholt hatte und ihm dann auf halber Strecke zwischen Tor und Apparierpunkt gesagt hatte dass Dweco nun frei war Dweco hatte nicht mehr wir ihn wie Harry Potter den verurteilten Dweco Malfoy davor bewahrte wegen falschen Anschuldigungen nach Azkaban gebracht zu werden auf unser erneutes Nachfragen hin bestätigte das Ministerium noch einmal dass Tom Roman der wahre Täter ist und es diesmal keinen Zweifel an dessen Schuld gäbe doch nun gibt es neue Erkenntnisse über den Sieger über den dessen Namen nicht genannt werden darf und dem ehemaligen Todesser Harry Potter ist der Herr von der Villa Dweco Malfoy Aus sicheren Quellen wurde uns zugetragen dass sich Potter von Ginny Weasley seiner langjährigen Freundin getrennt hat Weiterhin berichtet die Quelle dass Potter seine Freizeit in Malfoy Männer verbringt dem Landsitz der Familie Malfoy Zudem tauchten nun Fotos auf auf welchen Potter und Malfoy auf einem Pariser Quidditch-Feld zu sehen sind Bild auf Seite 2 Dweco Malfoy ist nun in Harry Potter gebunden sagte der Heiler für magische und halbmagische Geschöpfe des St. Mungos Da Malfoy das Vila Band nähere Erklärung auf Seite 4 nicht mehr trägt hat ihn Potter wohl an seiner Seite anerkannt und die nicht verstoßen Ist der Urlaub in Paris also als verfrühte Flitterwochen anzusehen ein Kollege welcher Potter sehr nahe steht sagte dazu Harry war in letzter Zeit ziemlich neben der Spur und wenn er nun eine Vila hat dann wundert mich sein Verhalten nicht Die Frage die sich allerdings nun stellt ist inwiefern Malfoy seine Vila Magie eine stablose Magie welche diese Geschöpfe immer einsetzen können gegen Potter verwendet hat Inwiefern hat Malfoy Potter bezirzt Inwiefern war es Potters Entscheidung sich mit Malfoy einzulassen Der Autor von Herr und Vila welcher anonym bleiben will sagte Es kann gut sein dass Malfoy Potter für sich gewonnen hat indem er ihm den Verstand vernebelt hat Das kommt immer mal wieder bei den Villas vor Und selbst wenn Potter noch bei Verstand ist dann sollte er dringend dazu übergehen seiner Vila Manieren beizubringen Es gibt viele Methoden um sie gefügsam zu machen und dass sie ihre Magie gegen ihren Herrn einsetzen Was es nun für Harry Potter bedeutet eine Vila zu haben und Informationen zu diesem magischen Sicher suchte Draco Harrys Blick welcher schon wieder dabei war sich sein Brötchen zu belegen aber er schien selber aufgewühlt zu sein was Draco deutlich an der Ader auf Harrys Stirn erkannte Und jetzt fragte Draco nach Jetzt frühstücken wir und dann werden wir eine Runde spazieren gehen Du brauchst mal wieder ein wenig frische Luft Das ist alles was du dazu zu sagen hast Aber ja doch sollen wir jetzt rumheulen Das Einzige das ich mache ist das Käseblatt wieder abzubestellen Ich brauche nicht zu lesen wie ich dich angeblich zu Recht oder zu Unrecht grün und blau schlage denn das wird als nächstes kommen So viel Weitblick hatte Draco Harry gar nicht zugetraut Nach einem sehr langen Spaziergang und einem sehr sättigen Mittagessen Als sie beide gerade aufstehen wollten griff Harry plötzlich Dracos Hand und drehte sich ein Stück dass sie beide auf Dracos Unterarm blicken konnten auf welchem sich dunkelrote Flecken gebildet hatten Erschrocken zog er Draco auch den anderen Ärmel hoch und sah hier dieselben dunklen Male Was ist das? fragte Harry sanft aber trotzdem alarmiert nach Ich werde krank sagte Draco und schob die Ärmel wieder über seine Unterarme Nichts Schlimmes fügte er schnell hinzu als er Harrys besorgtes Gesicht sah Werden nur grippeähnliche Symptome werden Und warum hast du dann rote Flecken? fragte Harry nach und ließ seine Hand auf Dracos Handgelenk liegen Ich bin eine Wheeler Harry Als Harry keinen Aha Moment hatte fuhr Draco fort Ich versuche es dir ganz einfach zu erklären Meine erwachten Gene haben jede meiner Zellen verändert deswegen auch die starblose Magie und erhöhte Empathie Ich kann praktisch riechen was du denkst neckte Draco ihn und Harry errötete Und deine Gedanken sind meist unanständig Harry musste nicht wissen dass es eigentlich nur eine geschärfte Wahrnehmung war und dass sie eben auf Harry fixiert war dass er so viel mit bekam Egal auf jeden Fall lief ich in Asgaban auf Hochtouren Warum glaubst du konnte ich mich noch regen als du mich gefunden hast Ich kann in Not Situation alles aus mir rausholen was nur geht Und in Asgaban habe ich mich zwar ausgelaugt aber nie wirklich müde gefühlt schlicht weil die Vila es nicht zugelassen hat Und woher kommen dann die roten Flecken Mein Körper geht auf Sparflamme um sich wieder zu erholen Wir Wheelers sind dafür da solche Deppen wie dich zu beschützen und in jedes Gefecht zu begleiten Natürlich auch dass ihr uns grün und blau schlagen könnt und wir trotzdem noch die perfekten kleinen arbeits und sextiere sind Und die roten Flecken fragte Harry wieder nach Das sind die ersten Anzeichen von einer sehr spezifischen Vila Krankheit genannt Vila Tod Und jetzt schau nicht so man nennt sie nur so fügte Draco an als er Harry zusammen zucken sah Eben weil ich auf Sparflamme laufe werde ich jetzt krank Die roten Flecken sind ein Teil davon wie sein roter juckender Ausschlag ist Sie schwiegen sich einige Augenblicke lang an Dann strich sich Draco die Haare zurück Ich lege mich hin Langsam bekomme ich Kopfweh Und warum wirst du jetzt krank fragte Harry nochmal unsicher nach und lief Draco hinterher Weil sich auch mein Immunsystem verabschiedet Vergleich es doch damit dass wenn du viel Stress hast dein Körper dich mit Hormonen vollpumpt Lässt der Stress dann aber nach dann wirst du krank Achte da mal drauf Sie waren im Schlafzimmer angekommen und Draco begann sich auszuziehen was Harry ihm gleich tat Woher weißt du das alles Ich lese Holy Potter tu das auch mal Sofort rutschte Harry hinter Draco ins Bett und schmiegte sich an dessen Rücken Was wird das Ich mache einen Mittag Schlaf und dann sehen wir weiter schnurrte Harry und Draco stöhnte auf Gleich rufe ich Jumenta die wird dich aus dem Bett vertreiben Als Antwort lachte Harry nur Mit einem Zauber hatte Draco die Vorhänge geschlossen und spürte nun wie ihm langsam der Kopf weh zu tun begann Aber nicht auf die Art wie er Harry vermisste Es war einfach nur Kopf weh Er würde eine Grippe kriegen und dagegen waren nicht einmal die Zauberer immun Draco wühlte sich ein bisschen hin und her und merkte wie Harry sich seiner Position anpasste und spürte dann an seinem Hintern eine ziemlich deutliche Erektion Potter knurrte er tut mir leid gab dieser gleich zurück und zog sich ein Stückchen von Harry weg du riechst nur so gut und ich finde dich eben nicht so unattraktiv wie ein Stein kurz schrieg Draco und war wirklich froh dass Harry nicht sein breites Grinsen sehen konnte das gerade seine Lippen zierte behalte deinen Penis in deiner Hose und deine Hände bei dir du gieriges etwas rutsch aber wieder an meinen Rücken mir ist kalt abends brachte Harry ihm das Essen ans Bett und dann saßen sie einige Minuten schweigend nebeneinander hier fehlt mir ein Fernseher stellte Harry dann fest immer nur lesen ist auch nicht das gelbe vom Ei dann floh doch heim du bist krank war Harrys einzige Antwort als ob das alles erklären würde kurz war Draco versucht ihn aus seinem Bett zu schmeißen aber dann begann Harry wieder zu erzählen von seiner Ausbildung zum Auror der Zeit in Hogwarts und alles was ihm einfiel Draco schwieg die ganze Zeit bis Harry ihn zu sich zog er positionierte Draco zwischen seinen Beinen so dass sich Draco mit dem Rücken gegen Harrys Brust lehnen konnte und schlang dann seine Arme um ihn erst wollte Draco sich sträuben aber dann merkte er wie warm Harry war und blieb sitzen wo er war was ist in Asgaban passiert ich habe jeden Abend das Entertainment Angebot des Gefängnisses genossen und zwischendurch ein wenig Skat und Schach mit den Wärtern gespielt was denkst du denn wie es war dass er Fieber hatte das wusste Draco auch so auch dass er leichten Schüttelfrost hatte den Harry mit seiner Körperwärme ein wenig kompensieren konnte seine Nasennebenhöhlen hatte er sich mit einem einfachen Zauber von dem Rotz befreit und blieb deswegen von einer roten verstopften Nase verschont ich will die Wahrheit hören sag mir was passiert ist sag mir alles was passiert ist ganz ehrlich Harry das willst du nicht wissen belaste nicht dein gewissen damit was in Asgaban so los ist vergiss es einfach deutlich konnte Draco spüren wie Harry sich hinter ihm verspannte genervt schloss Draco die Augen jetzt würde es wieder eine Standpauke geben doch ich will es wissen ich will alles wissen du wirst am ersten Tag anfangen und am letzten aufhören du wirst nichts auslassen ich bin dein Partner du sturer Esel und ich will auch das schlimmste mit dir teilen ich will nicht immer alles auf die Gold waage legen müssen was ich zu dir sage nur weil es ein Thema ist über das wir nicht reden können ich muss schon aufpassen dass ich dich nicht durch eine dumme Aussage ins Grab bringe hör auf dich zu Zierung und sag mir was passiert ist unsicher leckte Draco sich über die Lippen Harry ließ ihn nicht los und drückte ihn eher noch ein wenig enger an seine warme Brust er wollte es Harry nicht sagen nicht weil er ihm nicht vertraute er vertraute ihm sogar mehr als er seinem eigenen Vater vertraut hatte er wusste nur nicht wie Harry darauf reagieren würde was in Azkaban passiert war er war immer noch ein Wieler Herr und Dweco wusste nicht ob es ihn ekeln getan worden war nun es war Harry der ein ungeahntes Talent an feinem gefühl ausgub ich werde nichts dazu sagen du wirst es mir erzählen und dann werden wir beide schlafen gehen aber ich will wissen warum du nachts wach wirst und die Tür mit mehreren Zaubern verschließt wütend krallte Draco sich in der Bettwäsche fest er hatte gehofft dass Harry es nicht bemerkt hatte aber er fühlte sich besser geschützter wenn die Tür verriegelt war und gegen jedes bessere wissen begann Draco Harry zu erzählen was passiert war was er weg ließ waren nur seine kleinen Tag Träume an Paris die er gehabt hatte aber die hatten nichts mit Azkaban zu tun sie waren nur seine persönlichen Rückzugsorte gewesen Harry unterbrach ihn nicht und hielt seinen Körper einfach nur so fest umschlungen als ob er Angst hätte dass Draco gleich auseinander fiel wenn er ihn loslassen würde aber nichts desto trotz spürte Draco wie Harry sich verspannte als er bei der demütigenden Reinigung den Gesprächen mit Rudolfus und dem Wärter ankam dem er sich nicht kampflos hingegeben hatte Draco fragte Harry leise nachdem er geendet hatte und strich ihm sanft über den Arm resignierend schloss Draco die Augen war ja klar gewesen dass Harry es danach nicht auf sich beruhen lassen konnte und nur nachbohren musste willst du eine Milch mit Honig bevor wir schlafen gehen ich weiß dass das nur kleine Kinder trinken aber ich kann danach schlafen wie ein Stein perplex drehte Draco den Kopf um Harry ansehen zu können der ihn anlächelte und Draco ein Kuss halb auf den Mund halb auf die Wange drückte dann erst gab er Draco aus der Umklammerung frei und legte eine Hand sanft auf seine Stirn ich schätze dass du immer noch Fieber hast damit rief er Lacey bestellte freundlich Milch mit Honig und reichte Draco die Tasse als die Hauselfer mit der Bestellung auftauchte zusammen tranken sie schweigend aus ihren großen Bechern als Draco bei dem Honig angekommen war welcher den Boden bedeckte stockte er das war so pappig süß dass er es nicht runter bekam doch auf den Nachttisch durfte er es nicht stellen das ist das Beste gab Harry von sich nahm Draco die Tasse aus der Hand und trank die absurd versüßte Milch aus erst dann stellte Nachttisch er schloss die Vorhänge sprach einen Zahnreinigungszauber auf sich selber und dann auf Draco schwank dann seinen Zauberstab in Richtung der Tür Draco hörte wie der Schnapper einschwang die Tür verriegelt wurde und dann legte Harry weitere Zauber auf die Tür Draco fixierte die Wand auf der rechten Seite und schwieg zu den Vorkehrungen die Harry getroffen hatte er wusste selber wie affig das war die Tür verschlossen zu wissen wenn hier jemand eindringen wollte dann würde ihn eine verschlossene Tür nicht aufhalten nachdem er es durch die jahrhunderte alten und sehr mächtigen Schutzzauber um das Männer geschafft hatte es war so viel passiert in den letzten Tagen Wochen und Monaten sie hatten den 20. März und vor genau zwei Wochen hatte er um diese Uhrzeit in einer Zelle Eine Woche davor waren sie nach Paris aufgebrochen und zwei Wochen davor wiederum hatte Harry sich von ihm getrennt Draco riss Harry ihn aus seinen Überlegungen Er hielt Draco die Kette hin welche Harry ihm geschenkt hatte Langsam griff Draco danach fuhr mit den Fingern über den Anhänger und die Ketten Glieder ehe er sie Harry aus den Fingern nahm und sie sich um legte wieder rutschte der Anhänger in die Kuhle unter seinem Schlüsselbein und er wurde leicht warm Draco wandte den Kopf und sah dass Harry sein Gegenstück in der Hand hielt und es so aktivierte Draco ich sei still murmelte Draco und lehnte seinen Kopf nach hinten gegen Harrys Schulter bitte halt mich einfach nur fest und sei still Harry gehorchte schweigend schlang seine Arme um Draco und drückte ihn nahe an sich ehe er ihm einen sanften Kuss auf die Schläfe drückte den Draco kaum noch mit bekam da die Wärme und Harrys Geruch sein übriges taten um ihn einschlummern zu lassen Teil 63 Nach zwei Wochen in welchen sich Draco eigentlich nur zwischen seinem Bett ins Bad und dann vom Essen zur Couch bewegt hatte war es an der Zeit gewesen dass er sich der Welt stellte inzwischen brachte er fast sein ursprüngliches Gewicht vor der ganzen Wieler Sache auf die Waage und Harry hatte seine zwei Fernseher angeschleppt da seiner Meinung nach zu viel Lesen auch wieder verdummen würde das konnte Draco so nicht bestätigen aber er hatte Harry den Spaß gelassen die Muggel Dinger irgendwie mit Strom zu versorgen denn auch wenn er sich lieber die Zunge abbeißen würde so mochte er die Kiste da sie ihn schlicht ablenkte und seinen Kopf ausknipsten zudem schlief Draco früher oder später gegen Harry Schulter gelehnt vor diesen Dingern ein seine Grippe den Wieler Tod hatte er gut überstanden nach einer guten Woche hatte er nicht mehr das Gefühl gehabt dass er spürte wie die Erde sich drehte und wenn Harry ihm pausenlos etwas erzählte löste seine Stimme oder jegliche anderen Geräusche die Harry von sich gab wie zum Beispiel die schlechte Wiedergabe von Werbemelodien die Harry immer vor sich her pfiff während er duschte nicht mehr den Wunsch aus ihn irgendwo an einen Baum zu binden und dann weiter weg zu laufen den Propheten hatten sie abbestellt aber aus einigen Eulen von Hölle los sein musste zudem erhielt nun vor allem Draco Droh und Hass Briefe die Fanbriefe für Harry versiegten zwar nicht vollständig aber wenn man ihm schrieb dann bat man ihn meist sich die Todess Avila vom Hals zu schaffen nachdem der erste Schwung eines Abends eingetrudelt war hatte Harry kurzerhand entschieden dass die Hauselfen die Post sortierten und die Hass Briefe verbrennen überhört dass es seine Post sei und hatte dann nur knapp den Kopf geschüttelt ich werde nicht zulassen dass du die Briefe von den Idioten in die Hand nimmst denn so wie die Frauen mir Unterwäsche schicken so gibt es genug Spinner die das Pergament vergiften oder sonst einen Schwachsinn machen Draco hatte gemurrt sich dann aber gefügt sie hatten nicht ein einziges weiteres Er war Harry wirklich dankbar dass dieser nicht nachfragte sondern einfach akzeptierte dass Draco nicht mehr darüber sprechen wollte und auch wenn Draco es ihm nicht sagte so steigerte es das farme Gefühl für den Helden nur noch mehr Eines Abends hatte Harry Draco einen Zeitungsartikel über den Tisch geschoben Er hatte sich auf die Lippe gebissen und Draco begierig angestarrt während dieser den Artikel ersten überflogen dann genauer gelesen hatte Er hatte von einem Wirt aus Asgaban gehandelt welcher zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war da er Gefangene sexuell misshandelt hatte Mehrere Aussagen gegen ihn waren getätigt worden und nun war er einer von denen an denen er seine Macht Stellung ausgenutzt hatte Seit diesem Abend hatte Draco die Tür nicht mehr verriegelt Was Draco ihm genauso hoch anrechnete war dass Harry nicht von seiner Seite wich Er arbeitete zwar während Draco schlief oder las aber er beschwerte sich nicht ein einziges Mal Er machte Bürokram und das mit einer stöllschen Ruhe dass Draco sich ab und an mal fragte ob Harry nicht irgendwelche Tränke nahm um seinem Temperament zu zügeln Bisher hatten sie keinen Sex gehabt Seit zwei Wochen war Draco wieder zu hause und Harry hatte ihn nicht ein einziges Mal verlangt berührt Sie schliefen zwar in einem Bett und jeden Abend wenn sie sich einen Film in der Muggelkiste anschauten zog Harry inzwischen seine Beine und umarmte ihn von hinten So saßen sie den ganzen Abend da und auch wenn Draco sich jedes Mal fragte warum er das mit sich machen ließ so genoss er die Nähe die Wärme und Harrys Atem an seinem Ohr bis er schließlich einschlief Es war Montag der 31 März als Draco in der kleinen Gasse hinter der Apotheke aufschlug Kurz blickte er sich um dann strich er sich die Kapuze von seinem Kopf und trat nach kurzem Zögern ein Sofort umfing ihn der vertraute Geruch nach Kräutern Zaubertränken und Rauch Er hängte seinen Mantel an den leeren Kleiderständer und betrat dann den dreieckigen Raum Auch wenn sein Leben aus den Fugen geraten war so sah hier doch alles aus wie immer An den Wänden reihten sich die Regale mit den Zutaten für die Tränke durch das Dachfenster schien die aufgehende Sonne und Draco strich Gedanken versunken mit den Fingerspitzen über seinen Arbeitstisch Muffloi Überrascht drehte Draco sich um und sah sich Mr. Underwood entgegen der ihn verdutzt anblickte ehe er zu strahlen begann auf Draco so schnell zueierte dass Draco Angst hatte dass der alte Mann wie eine morsche Puppe auseinander brechen könnte und streckte Draco die Hand hin welche dieser ergriff Guten Morgen Sir Guten Morgen Guten Morgen mein Junge Er legte die linke Hand auf ihre ineinander verschränkten Hände und strahlte Draco von unten so breit an dass Draco sich an den Weihnachtsmann erinnert fühlte welchen er manchmal in einer Muggelgegend von kleinen Muggeln umringt gesehen hatte Wie geht es dir? forderte er zu wissen Gut Sir Danke der Nachfrage Kurz zögerte Draco doch dann fuhr er fort während sein Chef ihre Hände tätschelte Danke dass sie für mich ausgesagt haben Die dünne runzelige Hand des Mannes blieb ruhig liegen und sein fröhlicher Ausdruck verschwand langsam von seinem Gesicht Mein lieber Muffloi das war doch selbst verständlich ich hätte mir bei dir niemals vorstellen können dass du jemandem etwas antun kannst ob du ein dunkles Mal hast oder nicht du bist ein guter Junge verzweifelt versuchte Draco den Kloß in seinem Hals herunter zu schlucken aber er schaffte es nicht infolgedessen hörte sie seine Stimme ziemlich gepresst an Danke Sir Kein Problem mein Junge Nun ließ er Dracos Hand los und musterte ihn einmal eingehend Mal wieder sah er wahrscheinlich mehr als für ihn gut war so flink wie seine Augen über Dracos Erscheinung flitzten Was kann ich denn für Ich wollte fragen ob sie mich vielleicht wieder einstellen Ich weiß dass ich ziemlich lange ausgefallen bin aber Unsicher brachte Draco ab als Underwood abwinkte Ich wäre sehr froh wenn du wieder hier arbeiten würdest Muff Loi und wenn du willst dann nimm dir ruhig noch ein paar Tage frei Das macht nichts Dein Arbeitsplatz wird immer noch da sein auch wenn du ein wenig Urlaub gemacht hast Seine Fingerknöchel klopften auf Dracos Arbeitstisch Ich hatte einige Bewerber hier aber ich denke dass ich langsam ein wenig zurückfahren sollte Während du weg warst hatte ich nur halbtags offen Meine Frau hat sich um den Versand gekümmert und ich habe in der Zeit gebraut Aber wenn du jetzt wieder einsteigst dann kann ich mich wieder um die Kunden kümmern und werde nur einspringen wenn du Hilfe brauchst Draco nickte sofort und atmete erleichtert tief durch Er hatte nicht gedacht dass er so einfach an seinen alten Job zurückkommen würde Wann darf ich anfangen Sir Vorsichtig glinzte Underwood in den Verkaufsraum dann winkte Draco verschwörerisch zu sich nach vorne und Draco beugte sich ein Stück zu dem alten Mann herunter Am besten noch heute mal Floyd Ich liebe meine Frau wirklich wenn ich sie noch einen Tag länger in meinem Geschäft ertragen muss dann stelle ich sie mit einigen Tränken still Den ganzen Tag über konnte Draco sich ganz darauf konzentrieren was er am liebsten tat Tränke brauen Zutaten abwägen zerschneiden zerdrücken aufkochen abschöpfen erkalten lassen wieder erhitzen und die fertigen Tränke in kleine Flaschen abfüllen Gegen Nachmittag gesellte Underwood an dem Tisch neben Draco um ihren Bestand wieder aufzustocken sag mal Muffloi fragte er nach einer Stunde in welcher sie sich angeschwiegen hatten kommt der schwarzhaarige Mann dich heute abholen es ist so schönes Wetter dass er sicher einen Spaziergang machen könntet du bist immer noch ein wenig blass um die Nase ein wenig frische Luft würde dir sicher gut tun sie mein Harry fragte Draco nach und rührte das Gebräu in seinem Kessel um weiß nicht heißt er so nun nahm Draco Underwood seine Tatrigkeit keine Sekunde länger ab aber ihm war klar dass von dem Mann keine Gefahr ausging wenn er Draco hätte schaden wollen dann hätte er Harrys Namen an die Presse weiter gegeben und die immense Belohnung eingestrichen aber nichts dergleichen war passiert zudem wusste die ganze Harry zueinander standen warum also lügen ja Sir so heißt er sagte Draco und schmunzelte leicht aber er wird nicht hierher kommen hm machte Underwood und dann schwiegen sie wieder als Draco im Malfoy Männer aufschlug sagte ihm ein Blick in den kleinen Raum in welchem die Umhänge hingen dass Harry noch nicht da war da sein brauner Arogen Umhang nicht an seinem Platz hing Draco ihm mitgeteilt hatte dass er wieder arbeiten gehen würde war auch Harry nach dem Frühstück ins Ministerium appariert gelassen ging Draco in sein Schlafzimmer und dann ins Bad um sich Wasser in die Wanne einzulassen er hatte einen ziemlich übel riechenden Trank gebraut und auch wenn er einen Reinigungszauber auf sich gesprochen hatte so hatte er das Gefühl immer noch zu stinken und wollte sich durch die Muggel Variante säubern er erwischte sich dabei wie er leise die schräge Melodie von Underwood übernommen hatte diese nun vor sich hin summte und sein Schlafzimmer durchquerte mit geübten Griffen öffnete er seine Krawatte betrat das Bad und stockte dann er runzelte die Stirn ging einige Schritte rückwärts und betrachtete sein Bett also nicht sein Bett es stand definitiv dort wo sein altes Bett gestanden hatte aber das war nicht sein Bett das Gestell war aus einem helleren Holz als ein altes und einem Kopfteil war auf der einen Seite ein Gryffindor Wappen eingelassen und auf der anderen Seite das von Slytherin dass das Gryffindor Wappen noch nicht in Flammen aufgegangen war denn immerhin war es hier in der Hochburg eines Slytherins war schon ein Wunder dann glitt Dracos Blick zu der Bett Wäsche und nun war er sich ziemlich sicher dass das da Harrys Bett war die Bett Wäsche war rot aber nicht ein dunkles Wein rot sondern das wundervolle Gryffindor Rot welches Draco nur beim Anschauen Kopfschmerzen bescherte langsam glitt Dracos Blick über den restlichen Raum und dann zu Harrys Bett Seite neben seiner Seite lag mit einem billigen Pappumschlag den Fernseher gegenüber von seinem Bett kannte Draco schon und er betrachtete mit schiefgelegtem Kopf die kleinen Schachteln in welchen die runden Scheiben lagen von welchen man Filme schauen konnte sie standen sauber sortiert in dem Glasschrank auf welchem das Muggelding thronte Harry hatte das Ding angeschleppt weil Draco als er krank war eher schlecht als recht lesen gekonnt hatte und Fernsehgucken dann eine nette und willkommene Abwechslung gewesen war aus einem inneren Impuls heraus öffnete Draco seinen Kleiderschrank bzw. sein Ankleidezimmer und fuhr mit den Händen seine sauber aufgereihten Anzüge entlang dann betrachtet er nicht minder fasziniert die bunten Farben welche einen Teil des Kleiderschranks einnahm Harry hatte einige seiner Sachen hergebracht weil er augenzwinkernd gemeint hatte dass er sich nicht zweimal hintereinander das gleiche anziehen würde aber das hier waren viel mehr als ein paar Wechselsachen nachdenklich schloss Draco die Tür und warf dann einen kurzen Blick ins Bad auf dem Board über dem Waschbecken stand Harrys Zahnbürste daneben sein Rasierer und ein fremdes Nageletui lag aufgeklappt auf dem Waschbecken in der Dusche stand ein billiges Muggelshampoo nebst einem noch billigerem aussehenden Duschgel In seinen Gedanken versunken strich Draco sich über sein Kinn und verließ sein Schlafzimmer Er folgte dem Gang und stieß dann die Tür zu seinem Arbeitszimmer auf welches so aussah wie er es verlassen hatte Doch hinter der nächsten Tür des Ganges hatte sich der Raum komplett verändert Wenn Draco ehrlich zu sich selbst war dann wusste er partout nicht mehr was sich hier drin aber lagen auf dem Schreibtisch halb beschriebene Pergamente Akten stapelten sich auf einem Stuhl dem Tisch dem Boden und in einem weißen neuen Schrank welcher so gar nicht zu der restlichen Einrichtung Männer passen wollte Langsam ging Draco in den Raum und betrachtete die Akten welche mit den unterschiedlichsten Ziffern beschrieben waren aber er war nicht so dumm eine zu öffnen Noch viel zögerlicher umrundete er den Schreibtisch und betrachtete mit einer tiefen Falte in der Stirn die vielen Fotografien eine zeigte das goldene Trio die andere die Wiesel Familie ohne die Kröte wie Draco erfreut feststellte sie alle winkten Draco zu und lächelten ihn breit an auf dem Schreibtisch lag eine offene Dose mit Eulen Keksen und neben dem Tisch war eine Vogelstange angebracht welche zurzeit verwaist war Dracos nächster Gang brachte ihn in seine Bibliothek die sich über mehrere Stockwerke erstreckte auch hier war Harrys Einfluss deutlich neben seinen Büchern standen die von Harry darunter Muggelromane aber auch Trainingsbücher für Auroren Draco tippte sich mit Zeigefinger und Mittelfinger gegen seine Lippen während sein Blick über die Titel vor ihm strichen Ganz zum Schluss ging er ins Wohnzimmer Auch hier stand inzwischen eine dieser Muggelkisten Ein schwarzer Kasten war daran angeschlossen Harry hatte ihm erklärt dass man damit Spiele auf der Kiste spielen konnte Einige Male hatte Draco Harry dabei zugesehen es aber nie selbst versucht Als letztes fiel Draco auf dass Harrys roter Lieblingssessel sich zu seiner edlen Couch gesellt hatte Auf diesen ließ Draco sich sinken und betrachtete das neue Gemälde an der Wand welches den Blick auf das Dorf wieder gab in welchem Harrys Eltern gewohnt hatten dort ging gerade die Sonne unter und Draco fragte sich wann Harry hier eingezogen war ohne dass er es bemerkt hatte Na riss ihn Harrys Stimme nach einigen Minuten aus seinen Gedanken Er beugte sich zu Draco runter küsste ihn kurz auf die Lippen ehe er sich neben ihn auf die Couch fallen ließ Wie war dein Tag Langsam strich Draco sich über die Stirn um die Falte zu eliminieren welche sich dort tief eingefressen hatte Nett sagte er dann knapp während er Harry dabei beobachtete wie dieser sich aus seinem Pullover kämpfte Er wusste nicht was Sollte er ihn raus werfen Konnte er das überhaupt Was hätte er gemacht wenn Harry ihn gefragt hätte Er hätte Nein gesagt Vielleicht war das die beste Lösung dass Harry sich hier reingemogelt hatte oder es weiterhin tat So musste Harry nicht fragen und Draco musste nicht Nein sagen Sie konnten einfach so tun als ob es einfach so passiert war und Harry jederzeit wieder gehen könnte wenn er es wollen würde Allerdings war Draco sich irgendwie sicher dass noch mehr Sachen von Harry hier eintrudeln würden und er behielt lustigerweise recht Nach und nach wanderte Harrys Hausstand in das Männer über und als Draco Creature eines Abends über den Weg lief welcher gerade das Silber polierte war Draco sich irgendwie sicher dass nun das alte Black Haus leer war Am 13. April Sonntags morgens war Draco gerade dabei ein Glas voll mit einer seltsamen braunen Masse in Augenschein zu nehmen und ignorierte Harry dabei gekonnt welche ihn wartend anschaute aber Draco wollte dem Geheimnis warum die Creme auf dem Frühstückstisch stand selber auf den Grund gehen so sah er die Katastrophe in Form einer Eule nicht kommen Draco bemerkte sie erst als sie einmal quer über das Tischtuch rutschte laut und empört restlichen Frühstücksutensilien vom Tisch fegte verdammter Wiesel Vogel kurz war Draco versucht dem Vieh das Glas mit der Creme an den Kopf zu schleudern oder Jumenta auf den Vogel zu hetzen welcher sich schon auf den Teppich geduckt hatte und sich zum Sprung bereit machte die Eule kreischte erneut laut auf während die Hauselfen den Tisch wieder neu deckten und Harry der Eule den Brief vom Bein nahm Gelassen kraulte er dem Tier durch die Federn und ignorierte gekonnt Dracos extra lautes Würgen mit welchem dieser seinem Unwillen Ausdruck verleihen wollte Harry überflog das Schreiben und lächelte dann leicht während Draco sich wieder dem Beheimnis der braun Creme widmete indem er den Löffel reintauchte und ihn sich dann zögerlich in den Mund steckte Nächste Woche ist welches Datum sie hatten trotzdem blickte er auf griff sich sein Brötchen und bestrich es sich mit Butter nachdem er begriffen hatte dass es sich um eine braune Marmelade zu handeln schien und fragte er nach die Weasleys laden uns zu ihrem Osteressen an den Feiertagen ein teilte Harry mit und wedelte mit dem Brief hin und her uns Harry hatte den Plural benutzt Die Wiese luden also auch ihn ein Dweco ließ das letzte Treffen Revue passieren außer dass er sich seine Nase beim Sturz vom Besen gebrochen hatte er Ginny am liebsten umgebracht hätte und sie ihn natürlich auch war es eigentlich recht nett gewesen Er träglicher als die Feste davor alleine zu verbringen nichts zu tun zu haben als ein Buch zu lesen und sich mit einem schalen Geschmack im Mund seine Gedanken an sich selber zu Gemüte zu führen auf alle Fälle würde es bei den Wieseln unterhaltsamer sein dass Harry dahin gehen würde stand außer Frage aber dass sie ihn nun auch einluden und er nicht dazu verdammt war wieder alleine zu bleiben ließ ihn sogar die mögliche Anwesenheit der Kröte ertragen er konnte sich schon vorstellen wie sie zusammen essen würden Geschenke austauschen würden Kuchen essen und abends zusammensitzen und reden würden gut Draco würde sich raushalten und vielleicht könnte er einige Sätze mit Fleur und ihrem Mann wechseln auch Granger schien für ein Schlammblut recht umgänglich zu sein bei Merlin er müsste ihn dann allen Geschenke kaufen für Granger auf jeden Fall ein Buch für Fleur ein Umhang und selbst die Ratte sollte etwas bekommen vielleicht einen Besen nicht den neuesten aber einen soligen guten Besen aber du gehst doch sicher zu deinen Freunden oder Verwandten oder so fragte Harry nach und unterbrach so Dracos Gedankengänge du willst da sicher nicht nochmal hinkommen du hast schließlich deine Freunde schon seit fast einem Monat nicht mehr gesehen das ist schon okay wenn du lieber bei ihnen bleibst dann musst du dich drum sah Draco ihn an er bekam einen schalen Geschmack im Mund ehe er nickte und schließlich log ja stimmt Harry lächelte ihm aufmunternd zu zu wem gehst du denn Draco bedachte sein Brötchen mit einem langen Blick Harry wollte ihn sicher dabei haben aber Draco konnte sich jetzt schon den mitleidigen Blick vorstellen mit welchen ihn Harry und die Wiesels bedenken würden wenn Sabini sagte er dann und sah zu Harry hoch welcher wieder nickte fast doch schon in den letzten Jahren bei den Sabinis Merlin wie erbärmlich er war er hatte niemanden mehr außer einer Straßenkatze und seinen Hauselfen niemand scherte sich darum wo er die Feiertage verbrachte seit Harry den Krieg gewonnen hatte war die letzte Einladung die er bekommen hatte zu den Gedenken an die Toten in Hogwarts gewesen und die Einladung bekam er nur aus Höflichkeit er hatte das letzte Mal gesehen wie sie darauf reagierten wenn er der Einladung nachkam er sagte Draco deswegen nur wieder und schlug die Beine unter irgendwie lustig dass wir beide anscheinend eine Ersatzfamilie gefunden haben Harry hatte eine Ersatzfamilie er nicht Am 20 April Ostersonntag als sie wach wurden türmte sich bei Harrys Seite ein ganzer Berg an Geschenken Draco schlang sich die Decke um und sah dem Helden dabei zu wie er wie ein Kleinkind das Geschenkpapier von Büchern Muggel Gegenständen und sonstigen Krimskrams riss Immer wieder murmelte Harry die Namen von ehemaligen Mitschülern und auch einige Namen die Draco Waage aus der Zeitung kannte Erst als das Bett mit Papier übersät war blickte Harry zu Draco und sein Blick huschte verwundert um ihn herum Schenkt ihr euch nichts? fragte er dann verdutzt während er hinter Draco auf den Nachttisch blickte auf dem bis auf das Buch in welchem Draco gerade las nichts lag Das letzte Mal dass Draco ein Geschenk zu einem Fest bekommen hatte war ein Weihnachten gewesen Harrys damaliges Geschenk war gewesen dass er ihm nicht sofort befohlen hatte sich umzubringen sondern ihn nur zwei Tage und zwei Nächte in dem Glauben gelassen hatte dass er alleine neben dem Kamin sterben würde Wir geben uns die Geschenke gegenseitig Wir schicken dafür keine Eulen los wenn man sich dann eh sieht Das ist unökonomisch Sie frühstückten noch zusammen und Harry fragte als sie beide die Seiten herausgenommen hatte auf welchem lang und breit stand wie Harry als Herr doch mit Draco seiner Wieler umzugehen habe Sag mal könnte ich deine Besen vielleicht mitnehmen vielleicht spielen wir noch eine Partie Quidditch oder spielt ihr auch Sie würden also wieder eine Partie spielen Kurz dachte er daran was für einen Spaß er gehabt hatte auch wenn er die gebrochene Nase nicht hätte sein müssen und schüttete nur den Kopf nehmen sie ruhig mit er würde sie sicher nicht fliegen danke sagte Harry und strahlte dann scharrte er mit den Füßen könntest du mir noch mal ein paar Flaschen Wein raussuchen ich habe welche gekauft aber als Creature sie sah sagte er dass er wörtlich dem Herrn sehr dankbar sei dass dieser ihm Wein brachte mit welchem er die Gnome betrunken machen könne um sie leichter zu fangen Wein also auch noch Draco fragte sich ob Harry an dem Tag überhaupt noch nach Hause kommen würde Teil 65 nach dem Frühstück als Harry die Geschenke für die Weasleys zusammensuchte holte Draco die Flasche aus dem Keller und reichte sie Harry in einer magisch verkleinerten Box ich wünsche dir viel Spaß bei den Sabinis pass auf dass du nicht Ehemann Nummer wie viel 10 wirst dann apparierte Harry und Draco starrte auf den Fleck auf welchem der andere gerade noch gestanden hatte die Stille dröhnte in seinen Ohren seit einem Monat war Harry die ganze Zeit um ihn herum gewesen er hatte die Angewohnheit immer irgendeine Geräuschquelle um sich herum zu haben weswegen entweder das Radio lief das Harry angeschleppt hatte oder der Fernseher im Hintergrund quekte und jetzt war es erschreckend still Draco vergrub seine Hände in seinen Hosentaschen zog die Schultern ein Stückchen hoch rief dann seine Hauselfe und bestellte sich das typische Osteressen Lamm auf die Frage ob er alleine essen würde schnauzte er die Hauselfe nur an ob sie hier sonst noch jemanden sehen würde den ganzen Tag war Draco alleine er verbrachte die Zeit über seinen Büchern ehe er einige Tränke nachbraute und dann alleine zu Mittag aber auch wenn Harry ihn die ganze Zeit genervt hatte wenn er während des Essens mit ihm sprach so vermisste er jetzt die Belanglosigkeiten welche sie sonst auszutauschen pflegten es war seltsam so schweigsam zu sein wenn man den ganzen Tag davor immer jemanden bei sich gehabt hatte als die Stille schließlich so erdrückend wurde und Draco sich zum x-ten mal fragte was Harry jetzt wohl gerade mit seiner Familie machte erhob er sich ruckartig nahm seinen Teller und setzte sich dann vor die Muggel kiste auch wenn das Programm ihn ein wenig ablenkte so sah er doch immer wieder Harry vor sich wie er mit seiner Familie zusammen aß sich unterhielt oder eine Runde Quidditch spielte den Nachmittag verbrachte er im Männer bis er die Einsamkeit nicht mehr aushielt und alleine in die Winkelgasse apparierte auch wenn es ihm die letzten Jahre nicht leicht gefallen war alleine die Festtage und seine Geburtstage zu verbringen so fühlte er sich heute so verlassen wie nie zuvor er zog sich seine Kapuze über und schlenderte die Gasse hinunter auch wenn keine Läden offen hatten so waren auch andere Familien auf die Idee gekommen sich die Schaufenster anzuschauen und Draco begegnete vielen Paaren welche einen Verdauungsspaziergang machten miteinander lachten und scherzten während Draco den Kopf tiefer senkte um nicht erkannt zu werden er aß sein Abendessen gleich vor dem Muggelding ehe er sich mit einem Bett ins Bett verzog und so lange las bis die Buchstaben vor seinen Augen verschwamm er löschte das Licht schlüpfte tiefer unter die Decke und beobachtete die magischen Zahlen über seinem Nachttisch erst lange nach zwei Uhr hörte er Harry kommen und stellte sich dann schlafend aber er rutschte an Harry heran als dieser sich zu Draco gelegt hatte und leise zu schnarchen begann vorsichtig schob er sich dicht an Harrys Rücken um ihn nicht zu wecken und legte ihm dann nach reiflicher Überlegung eine Hand auf den Unterarm es war tröstlich Harry anfassen zu können und dann haben wir es nicht mehr geschafft eine Partie zu spielen schloss Harry seinen mindestens 10 minütigen Vortrag was mal wieder alles bei den Wieseln passiert war Draco hatte ihm zugehört und auch wenn er nicht wollte darüber grinsen müssen als Harry ihm berichtete wie George ausversehen das Essen seiner Mutter mit einigen kleinen Extras aufgepeppt hatte und schließlich die ganze Familie mit Herz allerliebsten Hasenohren und Zähnen aufgewartet war kann ich die Besen noch mal haben wieder nickte Draco Harry blickte ihn an dann fragte er zögernd und bei dir wie war es bei Blaze unwillkürlich zuckte Draco mit den Schultern und rollte den weichen Fingern er würde sich sicher nicht die Blöße geben und Harry sagen dass er alleine gewesen war dass es niemanden gab der sich für sein Verbleib interessierte wie immer willst du es mir nicht sagen hakte Harry nach und legte seine Hand auf die von Draco Augenblicklich zog Draco seine Hand zurück was Harry mit einem runzeln der Stirn quittierte wir haben nur geredet was gegessen und draco und blickte Harry an willst du mehr wissen kurz runzelte Harry erneut die Stirn und schüttelte dann den Kopf gehst du heute wieder hin und wieder log Draco ja für nichts auf der Welt würde er zugeben dass er Blaze seit der Schlacht in Hogwarts nicht mehr gesehen hatte ob sich sein ehemaliger Freund von ihm fernhielt weil das zu Dracos Auflagen gehörte oder ein Mayfoy abgeben wollte wusste Draco nicht wahrscheinlich würde er es auch nie erfahren aber Draco tippte auf letzteres er an Blaze Stelle hätte nichts anderes getan als sich von dem sozialen Absteiger fernzuhalten als Harry mit einem lauten Knall verschwand vergrub Draco seine Hände in seinen Hosentaschen er zog die Schultern hoch und dann scharte er mit den Füßen über den Boden er Füge geben wenn er Harry hätte begleiten können ein wenig Wärme und Normalität spüren ein wenig das wenn auch abgedrehte Leben einer Familie schnuppern alleine vergrub Draco sich den Vormittag über in einem Buch vor dem Kamin er sich von Lacey Essen bringen ließ er stocherte lustlos in den Braten herum und dachte an die prunkvollen Feste welche er mit seiner Familie und Freunden gefeiert hatte wie voll das Männer über die Festtage gewesen war er dachte an die Feste in Slytherin und die ganzen Geschenke die er immer bekommen hatte er hätte sich selber etwas schenken sollen dann würde er sich jetzt nicht ganz so erbärmlich fühlen nicht mal Harry hatte an ihn gedacht und das kränkte ihn erschreckend heftig wenn er ehrlich war so hatte er am Ostermorgen auf seinen Nachttisch dass er leer gewesen war wenn Harry an ihn gedacht hätte dann wäre er zu den Wieseln mit gegangen er hätte Harry berichtet dass sie niemand eingeladen hatte oder er hätte eine Absage von den Sabinis fingiert er hat dafür Harry den Besen gekauft auf welchem sie in Paris geflogen waren und dann hatte er noch ein Buch mit seltenen Zaubersprüchen gefunden welche in einem Kampfeinsatz fanden allerdings waren sie alle weiß magisch weswegen sie keine Narben oder sonstigen Verletzungen hinterließen auch waren einige Aufspür Heil und Schutz zauber darunter beides lag verpackt verschlossen in Drakos Büro in einem Schrank aber wieso sollte Harry ihm auch etwas schenken er war nur der lästige Wieler anhang und der Gedanke kränkte ihn noch mehr auch wenn Harry immer wieder betont hatte dass sie ein Paar wären so benahm er sich nicht so als ob er Drakos als Partner schätzen würde Drakos schob den Teller vor sich und strich mit dem Fingernagel eine Falte aus dem Bettzug des Sessels während er durch die Muggelkiste hindurch starrte Drakos schrag heftig zusammen und sprang dann auf Harry stand in der Mitte des Zimmers und sein Blick ging von der für wieder zurück was machst du hier fragte Harry dann was machst du denn hier fragte Drakos zurück und versuchte eine plausible Erklärung zu finden warum er nicht bei den Sabinis war und Eierpunsch trank ich habe meine Quiddish Ausrüstung vergessen und du jetzt konnte er schlecht sagen dass er auch seine Ausrüstung vergessen hatte nachdem du weg warst hat Blaze mir geschrieben dass seine Mutter unpässlich ist unpässlich fragte Harry nach langsam waren sie wieder auf ihrem alten Terrain und Drakos verdrehte genervt die Augen wahrscheinlich hat sie gestern zu viel getrunken und immer noch ein Kater das sagt man so hast du gestern auch zu viel getrunken wo warst du gestern überhaupt im Männer von Blaze Familie bedächtig nickte Harry und drehte sich dann halb von Draco weg ehe er sich ihm wieder ruckartig zuwandte weißt du was mich wirklich erstaunt wie du bei Blaze feiern konntest wo er seine Mutter und ihr neuer Mann die Festtage auf Tahiti verbringen Draco Draco wurde es heiß als Harry seine Augen zusammen kniff und ihn taxierte warum lügst du mich an Draco Harry ich halt den Mund fuhr er dazwischen und Draco biss die Zähne zusammen als er den klaren Befehl hören konnte ich will das eigentlich gar nicht hören ich dachte zwischen uns hätte sich etwas verändert seit du aus Asgaban draußen bist aber ich scheine mich getäuscht zu haben bei wem warst du Malfoy zischte Harry erbost und kam näher auf Draco zu welche einige Schritte zurück machte bis er gegen die wand neben den Kamin stieß antworte mir ich war bei niemandem sagte Draco als er seinen Kiefer wieder bewegen konnte ich war hier aber ja doch höhnte Harry dann bekam er einen enttäuschten Ausdruck und seine Stimme wurde sehr viel leiser warum lügst du mich an ich habe nichts dagegen wenn du dich mit Leuten triffst die mir oder meinem sieg nicht positiv gegenüberstehen ehemalige Todesser sind aber ich will dass du dann wenigstens ehrlich bist Harry schien wirklich zu denken dass Draco bei einem Todesser Treffen gewesen war oder wenigstens mit Bellatrix Geist Karten gespielt hätte ich alleine sagte Draco leise und sah weg um nicht mehr dem durchdringenden Blick ausgesetzt zu sein ich habe niemanden der mich eingeladen hat fügte er dann so leise hinzu dass Harry es sicher nicht verstehen konnte bitte bitte fragte diese auch sofort nach wütend drehte Draco sich zu Harry zurück was soll ich dir denn sagen was willst du wissen meine Familie ist entweder tot oder darf mir nicht meine Karte schicken und von welchen Freunden sollen mir Einladungen geschickt werden von denen die in Hogwarts gefallen sind oder den die in Asgaban verrotten ich habe versucht mit Rodolfus zu feiern aber die Wachen wollten mich partout nicht mehr in das Gefängnis lassen Parkinson Familie Krabby oder Goyle Sabini oder wie heißen die Green Griss sag mal haben dich deine Muggel Verwandten einige Stunden zu lange in der Sonne arbeiten lassen denkst du auch zur Abwechslung mal bevor du den Mund auf machst entweder sie halten mich für ein Verräter oder sie hassen mich dafür dass ich nicht anstelle ihrer Kinder gestorben bin aber ich denke selbst wenn sie das alles noch hätten akzeptieren können dann wäre es mit jeglichem freundschaftlichen Verhältnis vorbei gewesen wenn sie gelesen hätten dass ich ein Halbblut bin und ausgerechnet mit unserem erklärten Feind das Bett teile als Dweco von Harry zurücktreten wollte hielt dieser ihn an der Schulter fest und stieß ihn erstaunlich kraftvoll du mir damit sagen dass du keine Freunde hast du nimmst mich auf den Arm Efeu Dweco schlug die Hand von Harry weg und beugte sich zu ihm runter verschwinde los hau ab zu den Wieseln und mach mit ihnen auf heile Familie ich brauche dein Mitleid nicht damit versuchte er ein zweites Mal von Harry weg zu kommen doch wieder hielt dieser ihn fest und drückte ihn nur mit beiden Händen gegen die Wand warum hast du das mir nicht gesagt fauchte Harry ihn nun wieder zornig an wieso bist du nur so verbohrt und stur was wäre denn schreckliches passiert wenn du es gesagt hättest wir wären gestern und heute zusammen in die Wiesel Hölle gegangen du bist so ein sturer Esel nun begann Draco wieder sich gegen Harrys Hände zu wehren kam aber nicht gegen ihn an immer wenn er sich wegducken wollte griff Harry erneut nach ihm und drängte ihn wieder zwischen sich und die Wand ich hasse dich zischte Draco Harry zu und wusste dass er von dem Hand Gemenge blaue Flecken davontragen würde ich dich auch Malfoy ich dich auch gab Harry zurück packte Draco grob am Kinn und küsste ihn ich ich dich auch gab Harry zurück packte Draco grob am Kinn und küsste ihn augenblicklich erstarb jegliche Gegenwehr von Dracos Seite und er zog Harry verlang näher zu sich Harry drängte seine Zunge in Dracos Mund und Draco packte Harrys Hemd sowie T-Shirt und zerrte es grob über Harrys Kopf achtlos ließ er die Sachen neben Harry auf den Boden fallen während dieser ihm ungeduldig wobei ein Großteil schlicht abriss und auf dem Boden landete ich will dich Malfoy knurrte Harry erregt und schob Draco das Hemd vor den Schultern das trifft sich gut gab Draco zurück und tat es Harry gleich welcher sich an Dracos Gürtel zu schaffen machte sie stolperten aus ihren Hosen und der Unterwäsche sanken vor den Kamin während sie sich gierig küssten ehe Harry Draco bestimmt auf den Bauch drückte und er keine Sekunde später einen feuchten ungeduldigen Finger an seinem Po fühlte nicht minder ungeduldig drängte Draco sich dem ersten und dann dem zweiten Finger entgegen während er leise keuchte und Harry sanfte Küsse und die gar nicht zärtlichen Bisse an seinem Rücken und Hintern spülen konnte Fick mich endlich fauchte Draco ihn an als Harry auch noch seine freie Hand um Dracos Erektion legte mehr Aufforderung brauchte der Held anscheinend nicht denn er positionierte sich hinter Draco schmierte ihn mit eisig kaltem Gleitgel ein welches Draco eine Gänsehaut bescherte denn sonst wärmte Harry das Gel immer mit den Fingern vor woher er es hatte wusste nur Harry und Merlin alleine und Liebevoll strichen Finger über Dracos Rücken bis er sich entspannt hatte und leicht nickte der Sex stand in der Grobheit dem rauen Vorspiel im Nichts nach auch wenn Harry so liebevoll und aufmerksam war wie immer und darauf acht gab dass er Draco nicht wehtat waren seine Bewegungen hart und seine Hände lagen fast schon schmerzhaft um Dracos Hüften aber nichts desto trotz brachten Draco die Stöße sehr schnell dazu sich in dem Teppich fest zu krallen und Harrys Namen zu stöhnen doch als Draco kurz davor war zu kommen entzog Harry sich ihm und Draco wollte gerade mit Musern anfangen als Harry ihn auf den Rücken drehte und ihn dann wieder in Besitz nahm er verschränkte seine Finger mit denen von Draco küsste ihn beugte sich dann zu Malfoy und um seine Aussage zu unterstreichen bisser Draco fest ins Ohrläppchen alleine von dieser nicht sehr freundlichen Liebes Erklärung und dem Schmerz kam Draco und riss Harry mit sich dieser sang keuchend auf ihm zusammen ehe er sich aus Draco zog und ihr das Gesicht verzog sein Hintern die Hüfte und sein Nacken schmerzte von der rauen Behandlung aber er fühlte sich dennoch zufrieden und seltsamer Weise glücklich Harry ließ sich neben ihm auf den Teppich sinken und betrachtete ihn aus halb geschlossenen Lidern Ob und wann Harry seine Brille verloren hatte konnte Draco nicht sagen Sehr viel zärtlicher zog Harry Draco nach wenigen Augenblicken nahe zu sich und küsste ihn auf die Stirn Nachdenklich betrachtete Draco das Gegenstück zu seiner Kette welches um Harrys Hals hing als Strafe für deine Sturheit bekommst du dein Geschenk erst heute Abend und du musst mit zu den Weasleys kommen unterbrach Harry die Stille zwischen ihnen Nun hob Draco den Blick Du hast ein Geschenk für mich fragte er verdurzt Natürlich habe ich etwas für dich du Esel ich wollte es dir heute geben wenn du dich entschieden hättest in die Wiesel Hülle mit zu kommen aber jetzt bekommst du es eben erst heute Abend und musst die ganze Zeit rätseln was es ist Das war eine Strafe die Draco gerne annahm und er vertuschte sein Lächeln indem er den Kopf wieder senkte und Harrys Anhänger in die Hand nahm sodass sein eigener warm wurde Teil 66 Zusammen schlugen sie vor dem gefährlich baufällig wirkenden Haus der Wiesel auf Selbst hier draußen vor der Pariergrenze hörte Draco die mehrköpfige Familie samt Anhang Lärmen Das Stimmengewehr aus den weit geöffneten Fenstern und der Geruch nach Mittagessen hing in der Luft Harry neben ihm fuhr sich durch seine zerzausten Haare und versuchte sich ein wenig in Form zu legen aber er sah immer noch so aus als ob er gerade wilden Sex gehabt hatte grinsend zog Draco seinen Zauberstab und richtete ihn auf Harrys Haare Der wirre Look verschwand und machte einer gewollt wir wirkenden Haarpracht Platz Besser versicherte Draco Harry als dieser vorsichtig seine Haare mit den Fingerspitzen berührte nebeneinander gingen sie auf das Haus zu und als sie durch die weit geöffnete Tür traten musterte Draco kurz die Schuhe welche sich auf den Boden in einem Schrank und sogar auf einem Bilderraben stapelten ehe er auch seine abstreifte und sie verstaute irgendwie war ihm klar dass wenn er wiederkam seine Schuhe von Gnomen oder sonstigen Viechern angefressen sein würden er sah bildlich die kleinen Ratten vor sich die sich in dem teuren Leder sicher sehr wohl fühlen würden sie sollten es wagen so viel Mühe machte Harry sich nicht er streifte seine Schuhe von den Füßen und kickte sie dann auf den Berg ehe er ins Wohnzimmer vor ging und Draco ihm folgte nachdem er sich die die Gespräche und alles wandte ihm so ruckartig den Kopf zu dass er einige Nackenwirbel praktisch quietschen hören konnte alles starrte ihn an einer Wieseltante unschwer an den roten Haaren zu erkennen lief der Tee halb aus dem offenen Mund und er sah wie sie alle seine Erscheinung kritisch musterten ehe das Zwillingswiesel und Draco war sich sicher dass er diesen jungen man irgendwann mögen würde soweit ein Malfoy ein Wiesel mögen konnte zu niemand bestimmten sagte jetzt schulde ich dir zehn Galleonen ich war mir so sicher dass die Gerüchte aus dem Propheten stimmen Harry seine Wieler grün und blau schlägt und man Malfoy deswegen nicht mehr zu Gesicht bekommt augenblicklich wandten sich alle empörten Blicke dem Zwillingswiesel zu doch dieser grinste Draco nur breit an und zwinkerte ihm dann gut gelaunt zu ich kann einen ziemlich guten illusions zauber gab Draco nur charmant zurück und sah dann zu Harry welcher nicht minder gut gelaunt zurück grinste kann ich bestätigen sagte nur noch Harry und Draco bemerkte erfreut dass nun alle nachdem sie Draco angeschaut hatten sich Harry zu wandten der zuckte die Schultern der Prophet hat absolut recht was er schreibt ich schlage Draco bei jeder Gelegenheit grün und blau na endlich bekommt er die abreibung die er verdient mischte sich nun die Ratte ein Ron fuhren ihn sogleich Granger und die Wiesel Mama an die angespannte Stimmung löste sich als sie sich alle gleichzeitig entspannten und über den Gesichtsausdruck von der Ratte schmunzelten welcher sich ehrlich empört und aufgebracht umsah und sich geschlagen hatte Fleur kam auf Draco zu und umarmte ihn herzlich kurz war Draco nicht sicher wie er reagieren sollte legte dann aber unbeholfen einen Arm um ihre Taille und zog sie samt gegen sich Fleur roch wundervoll nach Blumen Sand und Meer kurz schloss Draco genießerisch die Augen und saugte den Geruch tief ein ehe er sie wieder losließ und dann ihrem Mann die Hand reichte welcher ihm freundlich zunickte kurz darauf folgte der rest der Familie selbst Gabrielle die Schwester von Fleur reichte ihm betont gelangweilt die Hand ehe sie ihre hellen Locken um ein Finger wickelte und sich wieder auf eines der Sofa quetschte alle schüttelten ihm die Hand und drückten ihn kurz so wie die Wiesel Mutter alle bis auf eine die Kröte stierte Draco so hasserfüllt an dass er nicht anders konnte als sie breit anzulächeln und ihr sogar spöttisch zuzunicken ehe er sich neben Harry auf das Sofa setzte und sich von der Wiesel Mama ein Glas mit Eierpunsch aufdrängen ließ Es dauerte nicht lange und um ihn herum befanden sich alle in mehr oder minder hochtrabenden Konversationen vertieft Auch Harry sprach von der rothaarigen Meute Draco steuerte nichts zu dem Gespräch bei und lauschte den Ausführungen der vier über den Wunsch des Ministeriums das Alter zur Wahl nach unten zu senken Er nippte an seinem dauerhaft warmen Getränk und spürte nach kurzer Zeit Harrys Hand auf seinem Oberschenkel wo dieser auch liegen blieb Harry blickte ihn nicht an aber der Körperkontakt fühlte sich gut an warm und beschützend auch wenn Draco nicht wollte lächelte er leicht und nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Glas eigentlich hätte er nicht aufsehen müssen denn er spürte den permanenten penetranten Blick welcher die Kröte ihm zuwarf mit verkniffenem Mund und verschränkten Arm saß sie bei Fleur ihrer Mutter und dem O-Ring provozierend langsam streckte nur noch Draco die Hand aus sah dass sie seine Bewegungen folgte und legte sie auf Harrys umschlang seine Finger und rückte näher an den Helden bei welchem es bisher niemand geschafft hatte dass er die Radieschen von unten sehen konnte zu Dracos Freude verzog die Kröte das Gesicht noch mehr und fand er dem gepeinigt den Blick ab während Draco vor Schadenfreude fast übersprudelte Harry gehörte ihm er war durch die Hölle gegangen und Harry hat ihn nicht verlassen sie waren ein Paar und würden es auch immer sein komme was wolle kein Augenblick später betrachtete Draco verwirrt das Glas in seiner Hand als er über seine eigenen Gedanken nachdachte er schob diesen emotionalen Ausbruch dass er mit Harry vereint in den Sonnenuntergang auf einem schneeweißen Einhorn reiten wollte der Wieler und dem Glas Alkohol in die Schuhe ihr lieben rief die Mutter der Wiesel nach dem Tee und klatschte in die Hände es dauerte einige Augenblicke und zwei Schweigeflüche bis sie die Aufmerksamkeit aller hatte bevor ihr alle rausrennt um Quidditch zu spielen euch im Schlamm wälzt und dann aussieht wie eine Horde Gnome auf Brautschau will ich unser Foto machen also alle in den Garten und zieh durch die Schuhe an alle auch du Ron rief sie in das Chaos das entstand als sich alle aufrappelten die Stühle über den Boden schoben und laut lärmend auf die Tür zu bewegten auch Draco erhob sich so dass die anderen hinter ihm durch gehen konnten da das Wohnzimmer mit dem langen Esstisch aus allen Harry war in ein Gespräch mit dem Vater der Wiesel vertieft als er sich an Draco vorbeidrückte danach die Schuhe überstreifte und dann in den Garten ging während Draco allein an der Wand lehnte und der gewiffen der Freundin nach sah welche als letztes raus ging er zögerte sollte er dazu stoßen ehrlich gesagt bezweifelte er dass auch nur einer von ihnen wirklich Wert darauf gehörte er zu Harry und Harry gehörte zu dieser Familie unsicher sah er sich um und sein Blick streifte das Foto auf dem Kamin welches die Großfamilie an den letzten Festen zeigte auf allen stand die Kröte neben Harry jedes Foto zeigte wie Harry einen Arm um ihre schmale Schulter gelegt hatte und aus dem Bild lächelte während sie lächeln zu Harry sah und dann wieder aus dem Rahmen strahlte kurz stellte Draco sich das Bild vor das bald daneben stehen würde wenn er auch darauf wäre dann würde Harry vielleicht auch einen Arm um ihn legen oder vielleicht würden sie nur nebeneinander stehen vielleicht wollte Harry ihn auch nicht auf dem Familien Bild denn immerhin waren sie das eine Familie vielleicht würde er allein in der letzten Reihe stehen versuchen nicht ganz so verloren zwischen den fröhlich lachenden und wirkenden Wieseln zu wirken er würde sich nicht die blöße geben auch raus zu gehen nur um dann gesagt zu bekommen dass er nicht erwünscht war Teil 67 Draco er drehte sich um und stand dem Zwillingswiesel gegenüber welcher rasch seine Hand hinter dem Rücken verbarg verdutzt runzelte Draco die Stirn verdammt ich hatte gehofft dass mich niemand dabei erwischt trink besser nichts mehr von dem Punsch mahnte der Zwilling ihn zwinkerte ihm zu und schüttete dann eine Fiole voll mit einer schwarzen Flüssigkeit in das Getränk rührte um und steckte das Fläschchen zurück in seine Tasche schau 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 so skeptisch ich bringe sie damit schon nicht um fuhr das Wiesel gut gelaunt fort meine Familie sind die besten und kostengünstigsten Tester die es gibt zudem verklagen sie mich nicht wenn einer der Mischungen doch mal daneben gehen sollte und jetzt komm bevor Mom bemerkt dass wir beide fehlen die letzten die rauskommen werden von ihr immer noch mal extra zurecht gezupft das Wiesel grinste breit tat so als ob er sich die Hände ablecken würde und fuhr sich damit dann über die roten Haare während er noch breiter grinste als Draco das Gesicht verzog so schnell Draco konnte folgte er dem Wiesel nach draußen schlüpfte in seine Schuhe welche doch nicht angefressen waren und begann dann zu lächeln als die Wiesel Mutter den Zwilling tatsächlich am Arm hielt was vom Mundwinkel abrubbelte bevor sie allerdings auf die Idee kommen könnte dasselbe bei Draco zu machen tauchte er hinter dem Zwilling him durch und schob sich dann zu der Gruppe welche vergnüglich plaudernd auf dem Rasen vor dem Haus stand ein wenig abseits hinter den anderen blieb Draco stehen und schob seine Hände in die Hosentaschen er beobachtete seine Schuhe und lauschte den Gesprächsfetzen um sich herum so und jetzt schaut alle mal hierher rief die Wiesel Mutter und hantierte mit der Kamera herum Draco straffte die Schultern versuchte diese zu entspannen und blickte dann verdutzt neben sich als sie eine Bewegung aus den Augenwinkeln vernahm Harry schob sich zwischen ihn und einen Großonkel oder wie der alte Mann sonst in einer Beziehung mit den Wieseln Oberam näher zu sich zog und dann seine Hand mit der von Draco verschränkte eindringlich musterte Draco ihre braunen und weißen Finger dann drückte er sanft zu und strich Harry mit dem Daumen über den Handrücken nur einmal von rechts nach links mehr würde der kleine Held nicht als Dank dafür bekommen dass er neben ihm und nicht seinen Freunden oder gar der Kröte stand Allerdings hatte er da nicht mit Harry gerechnet wie dieser liebte und lebte Er schien mehr als nur ein knappes Daumen streicheln für diese wohltätige Tat zu verlangen denn er drehte sich halb zu Draco um seine Hand legte sich auf Dracos Kiefer drehte mit sanftem Druck seinen Kopf zu sich und küsste ihn dann mit geschlossenen Augen auf den Mund Ganz sacht und liebevoll lösten sich seine Lippen wieder ehe er ihn ansah mit den Fingerspitzen sanft Dracos Kieferknochen entlang fuhr und ihn wieder küsste glücklicherweise standen sie ganz hinten so dass niemand diesen Austausch von Zärtlichkeiten bemerkte und erst recht niemand sehen konnte dass Draco seine freie Hand Harry in den Nacken legte und ihn mit Nachdruck zu sich zog Jetzt rief eine Stimme Draco riss sich von den grünen Augen los und wandte sich so schnell wie er konnte wieder der Wiesel Mutter zu welche gerade ihren Zauberstab wegsteckte und wie wild in die Kamera winkte Harry drückte sanft seine Finger und Draco konnte die Körperwärme des anderen deutlich an seinem Arm spüren Nach dem Quidditch Spiel Granger hatte sich nach einer guten Stunde einen halben Meter über dem wurde es langsam dunkel und im Garten bereitete sich der Geruch von Essen aus welches die Wiesel Mutter vorbereitet hatte das Spiel an sich war ereignislos an Unfällen oder Zusammenstößen gewesen die Kröte war Teilbar Draco und Harry Hüter gewesen Draco hatte Granger im Verdacht welche die Plätze wie immer gelost hatte dass sie da ihre Finger im Spiel hatte um zu vermeiden dass er und die Kröte wieder aneinander gerieten und sie deswegen auf diesen Plätzen zu spielen hatten schlussendlich hatte Bill vor Fleur den Schnatz gefangen und Dracos Team damit zum Sieg geführt auch wenn Draco meinte dass Fleur mit Absicht ihren Mann hatte gewinnen lassen sie schulterten ihre Besen und betraten das Haus Draco folgte den anderen mit einigem Abstand und als Draco im Wohnzimmer neben Harry trat welcher sich aus seiner Schutz Uniform gezwängt hatte nahm Draco ihm das Glas mit Punsch aus der Hand und schüttelte nur den Kopf bevor Harry nachfragen konnte kamen und Fleur frisch geduscht aus dem Bad und Harry packte Draco am Handgelenk um gegen George und Angelina ein Wettrennen zu veranstalten wer als erstes bei der Tür ankam Komm Backover versucht sich los zu machen und Harry mit zu teilen dass er bei so einem kindischen Verhalten nicht mitmachen würde dann wurde ihm allerdings klar dass das wiederum einer Niederlage dem Zwilling und dessen Freundin gegenüber wäre zudem wollte er duschen er war verschwitzt und wollte nur noch aus den Sachen raus deswegen rannte er hinter Harry her wich mit ihm zusammen den Stühlen und einem paar über die Tür schwelle und Harry schlug lachend die Tür zu warum sollte ich das nicht trinken fragte er nun nach und zerrte sich die verschwitzte Kleidung vom Körper vertrau mir du willst das nicht trinken ich bin mir sicher doch dann wurde Draco von einem sehr lauten schrei unterbrochen welcher sich verdammt nach der Ratze anhörte und dann einem George Weasley ich erklärte Draco und begann sich nun auch aus einer engen Kluft zu pellen sorgst du dich um mich Malfoy neckte Harry Draco gut gelaunt zog sich die Unterhose runter und trat dann nackt wie er war näher zu Draco welcher Harry mit schiefgelegtem Kopf musterte niemals Potter gab er zurück Harry seufzte theatralisch auf und strich Draco mit einem Finger langsam über schimpfte und sie das laute lachen der anderen hören konnte die Ratte schien was man aus dem geschei der mutter entnehmen konnte voll mit akne pickeln zu sein Harrys Finger schlüpften unter dem Bund seiner Hose und daran zog Draco zu sich er drängte sich gegen Dracos nackten Oberkörper und Draco erschauderte kurz nicht weil Harrys Haut kalt war und feucht von dem jedem anderen und sogar noch vor wenigen Wochen hätte er Harry pikiert von sich gezogen doch nun schob er seine Hände um die bloße Hüfte zu schade murmelte er gegen Dracos Lippen und küsste ihn dann mit flinken Fingern zog Harry Draco die restlichen Quillage Sachen aus ohne den Kuss nennenswert lange zu unterbrechen und fuhr ihm dann aufreizend langsam von der Brust über den Bauch auch Draco blieb nicht untätig und imitierte Harrys tastende Bewegungen allerdings unterbrach sie eine ziemlich schlecht gelaunte Ratte welche gegen die Tür klopfte bevor sie an den nun ziemlich deutlichen Direktionen des jeweils anderen angekommen waren Harry beeil dich mal anscheinend hat er den Punsch getrunken und hatte darunter zu leiden gehabt was auch immer sein Bruder hineingekippt hatte abgesehen von den Pickeln welche sie nicht sehen konnten hörte sich seine Stimme deutlich danach an als er mitten im Stimmbruch Draco sah deutlich wie unwillig Harry Abstand von ihm nahm und er bemerkte genauso die Lust auf ihn welche seinen ganzen Körper zu fluten schien nach dem Abendessen was erstaunlich gut war dafür dass es keine Hauselfen vorbereitet hatten sondern nur eine kleine dickliche Frau verteilte besagte Frau das Foto welches sie gemacht hatten Draco betrachtete es nachdenklich und sah dann zu Harry welcher das Bild über Dracos Schulter gelehnt genauso interessiert musterte es zeigte zwar eine ganz fröhliche plappernde Familie aber eben auch Harry wie er Draco küsste und leider eben auch wie Draco diesen Kuss nur zu gerne erwiderte und sie sich aneinander dass sie sich schenken zaghaft ein wenig schüchtern aber jeder sah was zwischen ihnen war beziehungsweise dass es etwas zwischen ihnen war und dass es nicht nur ein schlichtes Zweckbündnis war das Draco nicht ins Gras beißen ließ da schien auch die Kröte auf dem Bild bemerkt zu haben denn wie auf dem Foto in Harrys Büro fehlte sie auch hier nett kommentierte die 15-jährige Gabrielle die sich unbemerkt zu ihnen gesellt hatte und Draco schloss kurz gequält die Augen warum musste Fleur auch ihre kleine Schwester mitbringen die so tief in der nervenden Pubertät steckte dass Draco sie am liebsten in eine Fliege verwandelt und der Kröte zum Fraß vorgeworfen hätte bis jetzt hatte er sie gekonnt ignoriert und auch von ihr schlug ihm ziemlich eisige Ablehnung entgegen Hallo Harry sagte sie dann und lächelte ihm zu unschuldig erwiderte der Held das lächeln Hallo Gabrielle sie warf aufreizend ihr langes Haar zurück und Draco sah sehr genau wie sie Harry musterte er hatte es bei dem trimagischen Turnier nur am Rande mit gekommen dass Harry nicht nur die Ratte sondern auch Fleurs kleine Schwester aus dem hatte sich nur geärgert dass Harry nicht in dem Teich ersoffen war zudem hatte er einiges ein Geld verloren weil er vor jeder Aufgabe ziemlich viel Gold gegen Harry gesetzt hatte er hätte es besser wissen müssen wenn Harry kein Todesfluch aufhielt dann sicher auch kein läppischer Drache Gabriel kennst du schon fing Harry an deutete in Dracos Richtung doch die Kleine unterbrach ihn Draco aber sicher und musterte ihn so abfällig von Kopf bis Fuß dass Draco ihr gegenüber leichte Bewunderung verspürte dieser Blick war eine Slytherin würdig ohne sich weiter vorzustellen wandte sie sich wieder mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen Harry zu wie geht es dir fragte sie nach oh ganz gut gab Harry als Antwort und blickte die Kleine überrascht an als sie ihm eine Hand auf den hauchte sie ihm zu und Draco kniff die Augen zusammen sie stand auf Harry eindeutig und gerade versuchte sie ihre nicht vorhandene Wilamagie auf ihn abfärben zu lassen halb belustigt halb verärgert räusperte Draco sich und Gabriel sah ihn kurz dunkel an du bist auch eine Wilam wenn ich mich nicht täusche sie schien ihre Taktik zu ändern gut erkannt gab Draco zurück und lächelte sie kokett an Harry hinter ihr gab einen seltsamen erstickten laut von sich welcher halb zwischen lachen und husten lag und wie hast du deinen partner gefunden du hast deinen noch nicht gefunden oder fragte Draco nach und erntete ein hochnäsiges Kopfschütteln ihr blick kuschelt zu Harry welcher amüsiert mit verschränkten Armen die beiden rivalisierenden Wilas beobachtete er schien zu wissen dass die kleine auf ihn stand und er ignorierte es schlecht du kannst es dir nicht vorstellen wie es war super kitschig und wie aus einem dieser typischen Muggelfilme für Frauen entsprungen wir haben uns zufälligerweise in der Winkelgasse getroffen es war ein lauer sommertag und wir haben uns über den Haufen gerannt als wir beide um die Ecke bogen er half mir meine Bücher die ich gekauft hatte wieder auf zu sammeln und dann war es auch schon passiert es war Liebe auf den ersten Blick schmachtend blickte Draco zu Harry hoch welcher sich eine Hand vor den Mund gelegt hatte um das Lachen zu kaschieren wir hatten einige Treffen ehe wir uns das erste Mal auf einer Blumenwiese unter dem Vollmond geküsst haben es war magisch Gabriels Gesichtsausdruck schwankte zwischen Unglaube kindischem Entzücken und mühsam aufgebauter Langeweile sie war 15 nicht mehr das leichtgläubigste Alter aber Draco wusste dass sie entsprechend gut lügen konnte um die Kleine in ihrer heilen Fantasiewelt zu belassen und schließlich waren wir in Paris eine wunderschöne Stadt aber wem sage ich das du bist ja selber Französin und weißt wie wunderbar es ist als frisch verliebtes Paar durch die verwinkelten Straßen zu spazieren Hand in Hand die Wärme des anderen zu spüren und zu wissen dass man nie wieder alleine sein wird Teil 68 Nachdenklich blickte Gabriel von Draco zu Harry welcher sich mühsam beherrschte bemüht gleichmütig nickte er um Dracos Flunkereien zu unterstreichen nur um seine Mundwinkel zuckte es leicht ich hoffe dass ich auch jemanden wie dich finde Harry sagte sie dann wickelte eine Strähne um ihre Finger und Harry beeilte sich wieder bestätigend zu nicken sie musterte Harry noch einmal eingehend lächelte ihn breit an und ging dann zu ihrer Schwester kurz hatte ich Angst dass du ihr die Wahrheit sagst das war wirklich nett von dir dass du die Ereignisse so geschönt hast sagte Harry leise zu ihm als sie beide der jungen wieder nach blicken ich weiß dass das nett war ich fühle mich auch ganz schmutzig Draco schüttelte sich leicht um seine Aussage zu unterstreichen er hatte das nicht für die kleine getan sie würde noch früh genug erfahren dass die Welt nicht so rosa war wie manche zauberer sie gerne hinstellten er hatte das vor allem für sich gemacht er hatte ihr deutlich gezeigt dass Harry ihm gehörte und sie somit höflich und unauffällig aber bestimmt in die Schranken gewiesen ihr junges alter hin ihr junges alter her er mochte es schlicht nicht wenn jemand Harry zu nahe kam vor allem nicht wenn es andere frauen waren sie hatte etwas das draco nichts zu bieten hatte eine gebärmutter und brüste unsicher überreichte draco Harry spät abends als sie nach hause gekommen waren da sie noch bis weit nach mitternacht bei den wieseln geblieben waren bis grange auf der schulter von der ratte eingeschlafen war seine beiden geschenke das hast du nicht gemacht stieß Harry aus riss das papier von dem geschenk welches die form eines besens hatte und dann tatsächlich ein besen enthüllte andächtig fuhr Harry mit den fingern über das holz und biss sich auf die lippe dann wandte er sich dem buch zu draco merkte sich dass es wohl das letzte buch war welches Harry von ihm bekommen würde er freute sich zwar und draco nahm es ihm auch ab allerdings freute er sich augenscheinlich mehr über den besen vor allem weil sein blick leicht zum fenster huschte und er enttäuscht weg sah als ihm aufging dass es draußen dunkel war Harry war eben eher ein praktischer Mensch und machte sich nicht sonderlich viel aus lesem material dracos geschenk war in einem roten papier eingewickelt als er das papier aufriss stieß er auf eine schwarze schachtel aber als er sie öffnen wollte legte Harry eine hand auf den deckel und hinderte ihn so daran draco blickte auf und musterte harrys leicht angespanntes gesicht du solltest dir anschauen und nicht ausrasten verstanden hat es was mit vilas zu tun fragte draco nach und verzog den mut harry schüttelte als antwort schlicht den kopf wenn es nichts mit vilas zu tun hatte dann würde es nicht so schlimm sein hoffte draco zumindest aber bei harry und den schrecklichen gen die er von der seite seiner mutter abbekommen hatte wusste man ja nie mehr oder minder beruhigter öffnete draco die schachtel und nahm ein silbernes armband daraus hervor es bestand aus einzelnen gliedern und war komplett schmucklos silbernes band so wie es auch gerne die muggel trugen keine besondere verzierung oder wertvolles material wie das aus dem die kette um dracos hals gefertigt war warum schenkte harry ihm ein muggel stück leg es dir um forderte harry und rutschte nervös auf seinem sitzplatz herum folgsam legte draco sich das band um den rechten arm doch harry schüttelte den kopf die stirn tat dann aber wie ihm gesagt wurde und legte sich das band um den linken arm er klickte den verschluss fest und blinzelte dann wieder zu harry hoch welcher sich grinsend die lippen leckte und jetzt bekomme ich jetzt einen orgasmus auf befehl als harry den mund auf machte unterbrach draco ihn nochmals bessere frage dein oder mein befehl wieder schüttete harry den kopf griff dracos arm und schob den ärmel nach oben einige sekunden betrachtete draco seinen unterarm und fragte sich was nicht stimmte bis ihm auffiel dass sein dunkles mal verschwunden war verblüfft drehte er seine hand hin und her bis er wieder harrys blick suchte der ihn neugierig betrachtete und jetzt wie ein kleiner hund aussah welcher gelobt worden war ein eingebauter illusions zauber fragte draco nach und harry nickte du sagtest doch mal dass das mal nicht verschwindet ich dachte mir dass du vielleicht doch weiter kam harry nicht da drag queen auf die couch zurück stieß sich auf ihn schob und anfing den helden am hals zu liebkosen während er ihm unruhig die kleider auszog heißt das danke fragte harry nach als er oben ohne auf der sitzfläche lag und draco an seinem gürtel herum nestelte das soll heißen dass du schlicht die klappe halten sollst potter wie meine kleine wila wünscht hauchte harry gespielt tragisch und strich draco über die wange dieser schnappte mit den zähnen nach den fingern und blinzelte harry an nenn mich nicht so wie klein er blickte harry in die augen sah den schalk dann vergrub er seine stirn in harrys hals dass dieser sein lachen nicht sah wohl aber spürte das hatte er sonst immer gemacht genauso hatte harry immer wieder aufgezogen und nun drehte harry dracos eigene verbalen waffen gegen ihn dieser verflixte kleiner gryffindor draco führte das wortgefecht nicht weiter sondern küsste harry wieder hungrig erst auf den hals dann auf den mund er gönnte ihm diesen kleinen sieg natürlich war harry bei dem sex so zärtlich wie immer er beratete draco gewissenhaft vor ehe er ihn auf der Couch positionierte und dann in ihn eindrang kurz hüsste draco auf da sie heute schon einmal nicht sehr sanften sex gehabt hatten aber harry küsste ihn auf den hals den kiefer kinn lippen und nase bis draco sich wieder entspannte schloss die augen und stieß langsam zu gemächlich wiederholte er die bewegung und draco sah wie viel es ihm abverlangte sich nicht einfach das zu nehmen was ihm zustand sanft fuhr harry über die schulter so dass dieser wieder die augen öffnete das ein verständnis in dracos gesicht lesen konnte und dann anfing das tempo bedacht sam aber kontinuierlich anzuziehen dieses mal kam draco vor harry da dieser nach der zeit anfing mit festem druck dracos erektion zu massieren und draco ziemlich schnell dazu brachte die hüften zu heben um harry einen leichteren zugang zu beschaffen und nach mehr zu betteln auch wenn draco in diesem moment irgendwo in seinem lust durch tränken hirn klar gewesen war dass ein melch niemals bettelte hatte er die leise stimme ignoriert welche sich verdammt nach seinem vater angehört hatte stattdessen hatte er es einfach genossen wie harry ihm leise ins ohr gekeucht hatte die festen tiefen stöße die wellen purer lust durch seinen körper sanden und die wärme von harrys körper auf seinem kaum war draco leise keuchend in der faust des helden gekommen brauchte auch harry nur noch wenige stöße bis er sich in draco ergoss und dann auf ihm zusammensang draco spürte wie stark harrys herz schlug und wie heftig er atmete während seine saubere hand fahrig über dracos hals strich vorsichtig entzog er sich draco welcher kurz das gesicht verzog als ihm etwas warmes über den por lief doch er ignorierte es harrys hand verweilte an dracos hals ehe er sich einen ruck gab und ihn nah zu sich zog langsam und in gedanken versunken strich harry ihm sacht über den rücken fuhr mit den fingerspitzen die einzelnen knochen nach die sich unter seiner haut ihn war angenehm nach einem tag unter den närmenden wieseln eine willkommene abwechslung und draco entspannte sich immer mehr er schloss die augen atmete tief durch und genoss die sanften berührungen auf seiner haut sowie die bleierne müdigkeit welche das hex mit sich brachte nach und nach wurde harrys hand träger bis er schließlich eine decke über sie beiden zog draco dass seine haare fuhr und dann leise sagte ich liebe dich augenblicklich war draco so wach wie noch nie zuvor in seinem leben er war sich sicher dass wenn woldemond quietsch fede jetzt durch das wohnzimmer spaziert wäre ein weißes hochzeitskleid getragen und dazu ein werbeslogan aus einem muggelding gesungen hätte er nicht minder geschockt gewesen wäre dracos hände wurden feucht und er schluckte heftig obwohl sein mund so trocken war dass jedes schleifpapier neidisch geworden wäre was sollte er tun wie sollte er reagieren was sollte er sagen sollte er überhaupt etwas sagen gut ihm war klar was er darauf eigentlich sagen sollte aber die worte wollten weder über seine lippen noch sich überhaupt in seinem Kopf formen alles in ihm schrie dass er das weite suchen sollte dass das über alles hinaus ging was er sich jemals gedacht hatte was zwischen ihm und Harry sein könnte er wusste spätestens seit der gerichts verhandlung dass Harry wenigstens mitleid mit ihm hatte ihn vielleicht sogar ein wenig mochte aber dass Harry ihn lieben könnte das war dann doch utopisch gewesen immerhin hatten sie sich viele Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht und Harry hat das sehr oft betont dass er sich eigentlich ein Leben ohne Draco wünschen würde er aber bei ihm blieb weil er seinen Tod nicht auf dem Gewissen haben wollte und auch jetzt wo sie ein Paar waren ärgerten sie sich gegenseitig mehr als dass sie eine echte Beziehung führten bedacht und langsam holte Draco Luft als er bemerkte dass er diese angehalten hatte und atmete dann so ruhig und gleichmäßig weiter wie er nur konnte er folgte dem einzigen logischen Weg welcher sich ihm bot er stellte sich schlafend diese der nächsten Tage lautete schlicht dass er nichts von Harrys Liebesgeständnis gehört hatte er hatte sich tief schlafend gestellt und auch Harry war kurze Zeit später eingeschlafen ohne nachzuschauen oder zu fragen warum Draco ihm nicht geantwortet hatte wenn Draco ehrlich war war er wirklich froh darüber dass Harry auch am nächsten Morgen nicht nachfragte und seine Liebeserklärung zudem nicht noch mal wiederholt Frühling zusammen mit Männer Harry ging seiner Arbeit als Auror nach und Draco arbeitete wieder Vollzeit an seinem früheren Arbeitsplatz nach und nach verschwanden ihre Namen von der Titelseite der Zeitungen und machten anderen Neuigkeiten Platz Draco blieb von neugierigen Blicken oder gar Fragen verschont wie es Harry erging wusste er nicht denn er durfte nicht über seine Arbeit sprechen und über eventuelle Hänseleien Harry und Draco versiegten und schon bald erhielt Harry wieder seine Fanpost nur dass jetzt zu den Hexen auch eine ganze Menge Männer gekommen waren die ihm schrieben als Draco ihm einen der Briefe vor die Nase gehalten hatte da sie beide es sich zur Gewohnheit gemacht hatten Sonntag abends zusammen die Fanpost durch zu sehen welche die Woche über gekommen war und an dem Brief eine sich bewegende Zauberer Fotografie befestigt gewesen war welche ein Zauberer in einem rot-goldenen Stringtanger gezeigt hatte Harry nur gelacht wie wäre es eigentlich wenn du mal so was heißes für mich anziehst hatte Harry grinsend nachgefragt und hatte mit der Spitze seines Zauberstabes den Tanger hochgehoben welcher dem Brief beigelegen war und ihn mit gerümpfter Nase skeptisch betrachtet Dein Draco nachfragen müssen weil er schlicht nicht wusste ob Harry ihn gekonnt auf den Arm genommen hatte während er mit einem Schwung seines Stabes den Fetzen in Flammen aufgehen gelassen hatte nachdenklich hatte Harry mit seinem Stab gewedelt um die letzten Rußpartikel davon runter zu bekommen ehrlich gesagt nein ich mag es viel zu sehr wenn ich dich ausziehen kann es ist viel spannender immer ein wenig mehr von deiner Haut freizulegen als wenn alles so vorzusehen ist langsam hatte Harry seinen Stab gehoben war Draco mit der Spitze sacht über die Knopfleiste seines Hemdes gefahren und hatte ihn dann ziemlich ruckartig zu sich gezogen danach hatten sie Sex auf den Liebesbriefen von Harrys Fans gehabt auch wenn es nicht sonderlich bequem gewesen war so war die Vorstellung dass Harry gewesen das Rascheln des Pergamentes in Kauf zu nehmen und den widerlichen Geruch des billigen Parfüms in der Nase zu haben mit welchem manche ihre Briefe eingesprüht hatten wenn sie nicht gerade zusammen Harrys Fanpost durchging dann verbrachten sie die Abende und Wochenenden so wie jedes andere Paar auch sie sahen sich Filme in der Muggelkiste an lasen oder Draco versuchte verzweifelt Harrys Schachspielen beizubringen war bis jetzt alles kläglich gescheitert als das Wetter besser geworden war und die Bäume und Sträucher um das Männer auszutreiben begonnen hatten hatten sie sich ihre Besen geschnappt und waren zusammen geflogen nicht gegeneinander sondern miteinander teilweise hatten sie einen schnatz losgelassen aber dieser Wettstreit war nicht wie in der Schule abgelaufen natürlich versuchte jeder den goldenen Ball als erste zu erhaschen aber sie versuchten sich nicht mehr gegenseitig vom Besen zu schubsen sie hatten alle Besen getestet die Draco sich jemals gekauft hatte hatten die Vor- und Nachteile stundenlang diskutiert bis sie übereinkamen dass sie eben nicht übereinkam allerdings hatte Harry wieder damit begonnen seine Freunde zu besuchen während Draco in Azkaban gewesen war und die Zeit danach war er immer an seiner Seite gewesen sie hatten nicht darüber gesprochen dass Harry auch gerne mal jemand anderen sehen würde als seine Kollegen auf der Arbeit und Draco natürlich beim Abendessen hatte Harry ihm dann irgendwann mitgeteilt dass er sich einige Tage später mit einigen Freunden treffen würde Draco hatte nicht nachgehakt und Harry hatte keine weiteren Erläuterungen dazu abgegeben mit wem er sich zu treffen gedachte gut zweimal in der Woche ging Harry entweder direkt nach der Arbeit zu seinen Freunden oder kam nach Hause zog sich um und verschwand dann wieder wenn Draco ehrlich zu sich selber war dann störte es ihn nicht einmal sonderlich dass Harry sich mit seinen Freunden traf auch wenn sie jetzt ein Paar waren und Harry ihn offen liebte war es doch angenehm einige Abende für sich zu haben in welchen Draco badete Tränke braute oder schlicht geschäftliche Dinge abwickelte alles nicht immer ganz einfach wenn Harry da war da dieser es sich nie entgehen ließ mit zu baden es doch tatsächlich geschafft hatte einen Kessel zum Schmelzen zu bringen was bei Draco simultan einen halben Tobsuchts und Lachanfall ausgelöst hatte und natürlich war der Held ziemlich nervig wenn Draco mit gerunzelter Stirn über den Dokumenten brütete und sich überlegen musste ob er sein Geld lieber in Spekulation steckte wie viel er für gemeinnützige Dinge spendete und wie hoch ihre Ausgaben waren etwas das an Harry vorbeiging er lebte von einem Tag in den anderen machte seinen Job weil er Spaß machte nicht weil er Geld brauchte und sein Gold war wahrscheinlich nach dem Zinssatz von vor 25 Jahren angelegt ganz zu schweigen davon dass er null talent für zaubertränke hatte und nie still in der walle liegen konnte sondern nach kurzer Zeit zu planschen begann wie ein kleinkind ganz im Gegensatz zu Draco der die Badewanne nicht als riesiges Spielparadies sah sondern als Ruheort Anfang Mai flatterte eine Eule zu ihn an den Frühstückstisch und überbrachte Harry ein Schreiben er überflog ist grinste breit und schob es dann Draco zu welcher es an sich nahm und es ebenfalls überflog es war eine Einladung zum 22. Geburtstag von Seamus Finnegan der kleine irre irische Gryffindor am Freitag dem 16. Mai lud er zu einer Feier in einem Strandhaus seiner Familie ein überrascht hob Draco eine Augenbraue als er seinen Namen neben Harrys las auch wenn es fast so aussah als hätte der ihre so fest mit seiner Feder aufgedrückt und er Dracos Namen so auf das Holz des Tisches kratzen gewollt hätte als es leserlich auf den Pergament zu hinterlassen ist das dein ernst fragte Draco nach und wedelte mit dem Pergament hin und her oder besser gesagt ist das sein ernst ich kann mich nicht erinnern auch nur ein gutes Haar in bezweifle ich irgendwie stark dass er das hier freiwillig geschrieben hat hast du ihn etwa unter einen Imperius gestellt du weißt dass das selbst für dich als Helden illegal ist oder Harry nahm Draco den Brief aus der Hand und überflog ihn dann noch einmal ich denke das meint er ziemlich ernst als ich ihm das mit uns erzählt habe wollte er mit gezogenem Zauberstab zu dir stürzen und dich dazu zwingen den Imperius zu lösen den du auf mich gelegt hast als ob ich so etwas nötig hätte gab Draco zurück und deutete Lapida mit einer Hand an sich runter er sah dass Harry ihn kurz musterte und sich dann über die Lippen leckte amüsiert nam Draco war wie sehr Harry ihm inzwischen verfallen war wenn er auch nur Andeutungen in Richtung Sex machte sah er sofort die Lust in Harry aufkochen wenn er weitermachen würde dann würde er sich in spätestens zwei Wochen mit dem Bauch auf den Frühstückstisch wieder finden und Harrys harte gezielte Stöße in sich spüren verhalten schielte er zur Uhr und stellte enttäuscht fest dass sie dafür keine Zeit mehr hatten die Suche nach einem Geschenk gestaltete sich als schwierig wie Draco überrascht feststellte Harry hatte beschlossen dass sie dem ihren etwas gemeinsam schenken und es dann eben ein teureres Geschenk werden würde deswegen kam Harry mit einem Stapel an Süßigkeiten wieder Draco weigerte sich schlicht dass er das als echtes Geschenk akzeptieren würde und besorgte dem ihren zwei Karten für ein Spiel der Kenmark Castretz der Lieblingsmannschaft als genauso schwierig gestaltete es sich für Draco die passenden Sachen rauszusuchen welche sie mitnehmen und anziehen wollten da ihnen nur mitgeteilt worden war dass es sich um ein Strandhaus handelte und wohl in wärmerer Gegend lag wollte er ihre augenscheinlich seinen Geburtstag am Strand verbringen am Abend mit allen zusammen feiern und sich wohl ordentlich die Kante geben wo der Strand lag wussten sie nicht das alles hieß allerdings am Umkehrschluss für Draco dass er wohl eine Badehose tragen musste etwas das er zu seiner Schulzeit besessen hatte aber danach nicht mehr baden gehen in der Öffentlichkeit ging aus drei Gründen nicht wegen des schicken Malz an seinem Unterarm den kleidsamen Narben und dann natürlich weil er schlicht er war aber Harry zu bitten dass er mit ihm zusammen einkaufen ging stand außer Frage deswegen einmal schlicht Harry Schwimmsachen und verbrannte sie zu einem Haufen Asche Draco fuhr Harry sofort auf als er sah was seine Wila da gemacht hatte damals hättest du niemals unter Leute treten sollen stellte Draco ruhig fest aber die waren neu herzlichen Glückwunsch dass dein Geschmack auch bei neuen Sachen zu wünschen übrig lässt aber wir hatten doch eine Abmachung oder wir haben keine Abmachung du wenn du weiter so rum saßt dann sehe ich mir deine restlichen Sachen noch mal genauer an bei besserem Licht du willst doch nicht dass ich deine Kleidung wieder einer Selektion unterziehe oder das das würdest du doch weiter kam er nicht denn Draco fischte einen der Pullis aus dem Schrank welches die Wieselmutter jedes Jahr für ihn strickte und hielt seinen Zauberstab an das untere Ende Er hatte als er Harrys Schrank ausgemistet hatte keinen Finger an die selbstgestrickten Sachen gelegt niemals würde er es wagen die Sachen zu verbrennen an welchen Harry offensichtlich wirklich hing Draco ich warne dich wenn ba 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 unterbracht Draco ihn und wedelte leicht mit dem Zauberstab hin und her anscheinend wirklich wütend bis Harry sich auf die Lippen während sein Blick über Dracos Kleider huschte die sauber geordnet einen Großteil ihres gemeinsamen Einkleidezimmers einnahm dann runzelte er die Stirn richtete sich auf und entspannte seine Schultern ein wissendes Lächeln huschte ihm daraufhin über sein Gesicht und Draco schmiss den widerlichen Pullover nach Harry der nur lachte und ihn aus der Luft fing Teil 70 Am 16. Mai trafen sie sich um 10 Uhr morgens mit den anderen in der Portschlüssel Zentrale Draco trug unter seiner Jeans die neue blaue Badehose und darüber ein dunkelblaues Hemd seine hellbraune Lederjacke die er davor noch nie angehabt hatte trug er darüber da es doch noch recht frisch war der Kauf der Badehose hatte sich als sehr schwierig erwiesen da Draco sich weigerte eine rote zu kaufen und Harry partout keine dunkelgrüne oder schwarze tragen wollte schließlich hatten sie sich auf zwei blautöne Dracos dunkler Harrys heller einigen können nachdem sie einen kurzen Quickie in der Umkleide gehabt hatten alleine bei der Erinnerung an die hastige Vorbereitung und die schnellen harten Stöße sowie die Gedanken im Kopf dass vor der Kabine Kunden und Verkäufer standen spürte Draco einen heißen Schauer über seinen Rücken laufen Das Armband welches er von Harry geschenkt bekommen hatte trug Draco nun permanent außer beim Sex Da legten sie beide ihre Ketten ab wenn sie es schafften und nicht hungrig und ziemlich hirnlos übereinander herfielen und Draco nun auch das Armband Jedes Mal wenn die Markierung wieder auf Dracos weiße Haut erschien strich Harry ihm über das eingebrannte Zeichen an seinem Unterarm und darüber was Draco jedes Mal ein leises Keuchen entlockte Harry wusste wahrscheinlich gar nicht wie viel ihm diese kleine Geste bedeutete Die Kennzeichnung war ein Teil von ihm und auch wenn er die schwarzen Linien am liebsten aus seinem Arm herausschneiden wollte so gehörte es dennoch zu ihm und Harry akzeptierte es Auch Draco fuhr immer wieder vor oder nach dem Sex die Narbe an Harry Stirn nach Er strich ihm auch über den restlichen Körper aber diese kleine Narbe welche ihre beiden Leben so bestimmt hatte zog ihn immer wieder magisch an Mit einem Finger fuhr er über die Zacken und war jedes Mal erstaunt wie glatt die Haut darüber war und dass er keine Unebenheit spüren konnte Ich mag es wenn du sie anfasst hatte Harry einmal mit geschlossenen Augen gemurmelt und dann zu Moment vorsichtig mit dem Zeigefinger die Narbe nachgefahren hatte Wieso? hatte Draco nachgefragt und Harry hatte entspannt die Augen wieder geschlossen weil die Leute sie immer nur angegafft haben und außer Voldemort hat sich niemand wirklich getraut sie zu berühren nicht mal Ginny hat sie angefasst klar hat sie mir mal die Haare weggestrichen aber sie hat sie nie wirklich berühren wollen als ob sie dann von einem schwarzen Fluch belegt wird wenn sie es mit Absicht berührt trocken hatte Draco geschluckt und war dann wieder die blitzförmige Narbe nachgefahren er hatte nicht gewusst was er hätte sagen sollen es ehrte ihn dass er etwas machte dass sich diese kleine miese Kröte nicht getraut hatte und dass Harry es offensichtlich wirklich genoss Harry hatte sich weiterhin streicheln nassen bis er die Finger ausgestreckt hatte und Draco sacht über sein dunkles Mal gefahren war wenn einige Dinge anders gewesen wären anders verlaufen wären ich nicht immer solches Glück gehabt hätte dann würden sich jetzt Kinder nicht meine Narbe mit einem Stift auf die Stirn malen sondern die würden versuchen das dazu zu bekommen welches die Leute tragen die dieses Land führen würden auch darauf war Draco stumm geblieben war Harry durch die zerzauste Mähne gefahren und hatte sich und ihn dann zugedeckt als der Held neben ihn eingeschlafen war hat er sich nah an ihn geschmiegt eine Hand über die nackte Hüfte des Helden geschoben und seine Beine mit den von Harry verschlungen Harry wurde der kleine Held von allen Seiten begrüßt während Draco ihn am Arm hielt dass er nicht schon wieder auf allen Vieren auf dem Marmerboden lag nicht nur beim Portieren sondern auch beim Apparieren konnte er sich kaum auf den Füßen halten kaum hatte Harry sich gefangen wurde er schon in stürmische Umarmungen gezogen während Draco einfach genau da stehen blieb wo sie angekommen waren und zusah wie Harry von einem zum anderen gereicht wurde den ganzen wilden Haufen aus hauptsächlich Gryffindors Hufflepuffs und Ravenclaws umarmte und sie mit einem Handschlag begrüßte der Kröte hingegen nickte er nur knapp zu sie erwiderte das nicken blickte dann angespannt zu Draco er sie den Blick wieder abwandte und sich dem Mädchen zuwandte welches neben ihr stand nach und nach hatte Harry alle begrüßt und nun späten die meisten misstrauscht zu Draco bis batten leise mit ihren Freunden oder strichen mit den Fingern über ihre Zauberstäbe Draco verschränkte die Arme und überlegte sich ob es wirklich so klug gewesen war mit zu kommen das waren alles nur ehemalige Mitschüler die er eigentlich alle kategorisch fertig gemacht hatte guten morgen Malfoy begrüßte ihn Granger und streckte ihm die Hand hin welche Draco ergriff und kurz schüttelte er würde niemals vergessen was sie in Asgaban und danach für ihn getan hatte für ein Schlammblut und bei ihrer gemeinsamen Vergangenheit war ihr Eingreifen besonders lobenswert morgen Granger sagte Draco und nickte dann der Ratte zu welche hinter ihr Aufstellung bezogen hatte Weasley Malfoy gab die Ratte zurück und erwiderte das Nicken knapp damit hatten sie alles gesagt was es zu sagen gab sie schwiegen sich an bis Harry sich wieder zu ihnen gesellte und angeregt mit seinen beiden besten Freunden zu reden begann Leute rief das Geburtstagskind nach einer kurzen Zeit und die Gespräche erstarben langsam er hob mehrere Portschlüssel hoch und verteilte sie dann an seine Gäste Draco war unheimlich froh dass seine Gegenwart ausreichte dass sie zu viert einen bekam so blieb ihm zu viel Nähe zu den anderen erspart sie verharrten im Kreis und nach kurzer Zeit wurden sie von den Füßen gerissen neben sich durch den Strudel aus Farben sah er Harry welcher wieder die Augen zukniff um bloß nichts von der Reise sehen zu müssen vorsichtig schob Draco ihm eine Hand unter den Arm riss ihn dann rechtzeitig von dem Schlüssel weg und landete gekonnt auf dem Sandstrand während er Harry ausbalancierte ich hasse das murmelte Harry leise und schob sich seine Brille zurück auf die Nase aber wenigstens stehst du und hast jemand der das Reisen beherrscht murrte Granger und klopfte sich den Sand von der Hose während die Ratte gleich liegen blieb wo sie gelandet war und mit geschlossenen Augen die warme Sonne genoss um sie herum begann die ersten schon begeistert sich die Kleidung vom Leib zu reißen und auch Harry schien nicht schnell genug aus seiner Hose zu kommen um sich in die Wellen zu stürzen sie standen auf einem relativ breiten Sandstrand und wenige hundert Meter von ihn entfernt erhob sich ein weißes gestrichenes Haus die Sonne brannte von Himmel und Draco tippte darauf dass es sie auf einen anderen Kontinent verschlagen hatte während Harry und die Ratte sich einen Wettstreit im Kleider ausziehen lieferten wobei Harry sich auf einem Bein springend Schuhe und Socken auszog und die Ratte sich nicht mal die Mühe machte aufzustehen sondern sich im Zauber dass er keinen Sonnenbrand bekommen konnte kaum hatten der Held und sein Freund die Sachen ausgezogen sie genau da liegen lassen wo sie sie ausgezogen hatten als sie sich auch schon dem Großteil der Gäste anschlossen und zum Meer stürzten Draco hingegen zog sich die Lederjacke und seine Jeans aus legte sie ordentlich zusammen dann setzte er sich in den Sand zog seine Beine an und beobachtete wegen des grellen nichts seinen Freund und dessen Freunde mit zugekniffenen Augen Granger hatte sich ein Stück von ihm entfernt zu einer Gruppe Frauen gesellt Draco bemerkte die Blicke besonders von der Kröte aber er reagierte nicht darauf er genoss das Rauschen des Meeres und den Blick auf Harrys nackten feuchten Oberkörper willst du nicht fragte dieser als er triefend nass Draco hochblinzelte während sich sein Brustkorb rasch hob und senkte ich darf mich nicht vor anderen entkleiden schon wieder vergessen Harry hob den Kopf und runzelte die Stirn aber mir macht das nichts aus seufzens schmiss Draco eine Hand voll Sand nach Harry von dem sehr viele kleine Körner an Bauch und Brust kleben blieben ich habe wirklich keine Lust deinen Freunden die netten Narben zu präsentieren welche du mir mit einer künstlerischen Genauigkeit über meine Brust geflucht hast augenblicklich wurde Harry verlegen und setzte sich auf es tut mir leid beteuerte er zum x-ten mal und Draco winkte nur ab ich weiß lass stecken und jetzt geh wieder spielen neckte Draco ihn sah dann Harry nach wie er sich kurze Zeit später mit einigen seiner Freunde ein Wettschwimmen lieferte während Draco sein Buch vergrößerte welches er mitgenommen hatte die Beine überkreuzte und daran zu lesen begann Harry lud ihn nicht noch einmal ins Wasser ein aber versuchte ihn zu seinem Spiel zu überreden welches unter Muggeln nicht unüblich war dieses am Strand zu spielen Draco lehnte ab und widmete sich dann wieder seinem Buch während er seine ehemaligen Mitschüler ausblendete als es Jacken und auch Draco erhob sich er verstaute sein Buch zog seine Jeans wieder an und ging damit Harry welcher die letzten beiden Stunden neben ihm gelegen hatte verträumt in den Himmel gestarrt hatte und immer wieder eingenickt war in Richtung des Hauses es war ein typisches Strandhaus die Möbel waren in weiß gehalten oder in ihrem natürlichen Zustand belassen das untere Stockwerk bestand nur aus einem riesigen Wohnzimmer und einer großen separaten Küche im Wohnzimmer war ein Buffet aufgebaut an welchem sich die meisten schon hungrig bedienten Draco hing seine Jacke auf holte sich dann zusammen mit Harry von allem etwas und verzog sich dann auf eines der vielen Sofas welches ein wenig abseits stand er wollte sich nicht in den Mittelpunkt drängen deswegen hat er auf das Baden und auf das Spiel verzichtet er musste Harrys Freunde nicht überfordern sie sollten Zeit haben bis sie sich langsam an ihn gewöhnten sie würden sich schließlich noch sehr oft sehen immerhin schmiss man einen Fisch auch nicht einfach so in ein Aquarium sondern ist das Glas eine Weide in dem Aquarium Wasser schwimmen kurze Zeit später setzte Harry sich neben ihn und zusammen beobachteten sie während sie hungrig ihren Teller lehrten wie der ihre seine Geschenke auspackte Harry rief er aufgeregt als er bei ihrem Geschenk angelangt war Harry und er hatten sich darauf einigen können dass sie ihm die Karten und die Süßigkeiten schenkten eben diese beiden Geschenke öffnete er gerade allerdings ließ er den Süßkram außen vor und wädelte aufgeregt mit den beiden Karten durch die sagte Harry schluckte seinen Bissen herunter stand auf und schlängelte sich durch die ganzen heraufbeschworenen Sitzgelegenheiten das ist der Wahnsinn weißt du dass ich fast den Verkäufer verflucht habe als er sagte dass alles ausverkauft ist ich wiederholte Harry abermalig und wurde dann in eine heftige Umarmung seines Freundes gezogen weil ihm die Luft zum Sprechen wegnahm du bist der beste Harry hiermit ist es offiziell ich liebe dich Draco grinst vor sich hin während Harry erneut versuchte etwas vorzubringen aber wieder von seinem aufgeregten Freund unterbrochen wurde entschuldige nuschelte Harry als er sich mit zwei Flaschen Butterbier neben Draco sinken ließ ich habe versucht es aufzuklären lässig zuckte Draco mit den Schultern und nahm Harry die angebotene Flasche ab es reicht mir dass du weißt dass ich ein besseres Geschenk ausgesucht habe als du Harry stieß Draco gegen die Schulter und machte ein halbschnaubendes halb belustigtes Geräusch Teil 71 Malfoy sagte eine Stimme hinter Draco und er drehte sich überrascht um hinter ihm stand der ihre hatte die Arme vor der Brust verschränkt und musterte ihn kühl kann ich dich mal kuss sprechen fragte er und nickte mit dem Kinn in Richtung Küche Draco runzelte die Stirn doch dann stellte er seinen halbleeren Teller auf den Tisch vor sich stand auf sah sich nochmals nach Harry um welcher aber ein angeregtes Gespräch mit einem Mädchen auf der anderen Seite des Raumes vertieft war er folgte dem jungen Mann in die Küche blieb kurz angespannt stehen als er sich nicht nur dem ihren sondern auch dessen besten Freund gegenüber sah nervös ballte er die Fäuste was sollte das werden ihm lief ein kalter Schauer über den Rücken als der beste Freund des Malfoy wiederholte der ihre ich will dich nicht hier haben verdutzt glitt Drakos Blick von einem zum anderen was sollte er darauf sagen aber bevor er einen weiteren Gedanken außer dass er unerwünscht war fassen konnte fuhr das Geburtstagskind fort während sein Freund eifrig nickte ich dachte echt nicht dass du den Mumm hast hier wirklich aufzutauchen Harry zuliebe habe ich dich auch auf die Einladung geschrieben aber ich dachte eigentlich dass du genau weißt dass du hier nicht willkommen bist unwillkürlich zog Drago die Schultern ein Stück hoch und ballte die Hände noch fester zusammen du gehörst hier nicht her die ganze Zeit muss Harry hinter dir herrennen und kann sich nicht eine Sekunde entspannen immer muss er sich nach dir umsehen und du sitzt nur hier rum und ziehst eine gesehen habe dachte ich mir dass ich dir eine Chance gebe aber du redest mit niemandem gehst nicht mal ins Wasser und auch jetzt hockst du mies gelaut herum auf jemanden wie dich können wir hier verzichten du verbreitest schlechte Stimmung kurz wog Drago ab ob er ihnen erklären sollte dass er nicht ins Wasser gegangen war weil sich tiefe Narben über seine Brust zogen oder ihn die letzten jahre alleine unsportlich hatten werden lassen und er deswegen das Muggelspiel nicht mitgemacht hatte entschied sich dann aber dagegen und jetzt schaltete sich der Freund ein welcher bis jetzt geschwiegen hatte du bist ein tot esser mal hier sind nur mitglieder des widerstandes oder hast du sonst noch jemanden mit dem dunklen mal gesehen fahrig deutete er in richtung von dracos unterarm es kann sein dass du jetzt an Harry gebunden bist aber dass du ihm diesen tag verdiebst indem du ihn zwingst sich immer wieder um dich zu kümmern während du mit einem buch am strand sitzt jetzt mal ernsthaft Malfoy wer liest denn bitteschön ein Buch während er mit einer riesigen Gruppe von Mitschülern unterwegs ist und er die Möglichkeit nutzen könnte die längst überfällige Entschuldigung auszusprechen für das was du uns allen angetan hast ungläubig betrachtete Draco die angespannten Gesichter der beiden Gryffindors sie meinten das wirklich ernst sie wollten dass er sich bei ihnen allen dafür entschuldigte dass er auf der falschen Seite gestanden hatte sie hatten darauf gewartet dass er aufstand mit einem Löffel auf ein Glas stieß sich räusperte und seine Entschuldigungsrede hielt und wer von den Anwesenden hatte sich bei ihm bedankt dass er Harry nicht verraten hatte und dafür die Strafe hatte ertragen müssen die sich fast über einen ganzen Monat hingezogen hatte Geh sagte nur noch das Geburtstagskind neuerlich bekräftigend Enttäuscht senkte Draco die Schultern Auch Granger und die Ratte hatten einige Zeit ein wenig abseits mit den anderen verbracht Harry war mit das Netz mit ihm gemacht und die letzten beiden Stunden hatte er großteils geschlafen Nicht ein einziges Mal hatte Draco ihm gesagt dass er bei ihm bleiben sollte sondern hatte ihn eher darin bestärkt Spaß mit den anderen zu haben Aber Draco war klar warum sie ihn hier nicht mehr haben wollten Er konnte sich nicht in eine Gruppe integrieren zu welcher er bisher nicht gehört hatte und auch niemals gehören würde Es versetzte ihm ein Stich dass sie ihn wohl nie an Harrys Seite akzeptierten und Harry regelrecht von ihm befreien wollten Er war ein Todesser gehörte nach Asgaban und Harry sollte wieder mit der Kröte zusammen kommen Das schien ihre Intention zu sein aber sie sprachen es nicht aus Sie wollten ihn nicht integrieren weder Harry zuliebe noch um des Friedens willen und dafür trug er Muggelsachen Aber mit Vergnügen Wenn ich ihn in etwas Nützliches wie ein Aspirin Das werdet ihr morgen alle brauchen bei dem Billig Fusel den es hier zu trinken gibt Damit drehte Draco ab öffnete die Tür schlängelte sich durch die herumstehenden Grüppchen griff sich seine Jacke und wollte diese gerade überwerfen als sich eine Hand auf seinen Arm legte welche natürlich Harry gehörte Er runzelte die Stirn und blickte auf Dracos Lederjacke in dessen Händen Was machst du Ich hau ihr ab schnauzte Draco ihn an und sah wie der ihre Plus Anhang hinter Harry getreten war Aber wieso denn fragte Harry alarmiert nach Weil Draco betrachtete das leicht gerötete Gesicht seines Partners und dann die beiden Gryffindors hinter ihm Er konnte ihm nicht die Wahrheit sagen Zum einen würden dann die Denn dann hätte Draco die Party für Harry beendet und zum zweiten wäre Harry sicherlich nicht glücklich zu hören wie seine Freunde mit ihm umsprangen Er würde es ihm sagen zu Hause wenn sie unter sich waren Nicht hier wo der Großteil der Gäste darauf lauerte dass sie stritten Weil es mich anwidert zischte Draco Harry leise zu Der ganze Tag ist scheiße Damit riss er sich heftig los und zog sich seine Jacke über Ich portiere nach Hause Aber die Porsche ist der Zentrale hat zu und der erste mitgebrachte Rücktransport geht erst in einigen Stunden merkte Harry an Schön dann kampiere ich eben vor deren Türen Er wollte sich abwenden aber Harry hielt ihn zurück Warum sagst du sowas Ich hatte den Eindruck dass es dir gefällt Nochmals glitt Dracos Blick zu Harrys Klassenkameraden welchen ihn dunkel anfunkelten Tja falsch gedacht Na schön dann hau halt eben ab schnauzte Harry ihn an wandte sich ab schritt zwischen seinen Freunden hindurch und verschwand zwischen seinen Mitschülern Verletzt setzte Draco sich zwischen zwei Dünen und starrt auf das ruhige Meer Eigentlich hatte er Harry nicht so anfahren wollen aber das Verhalten der ach so toleranten Löwen hatte ihn wütend gemacht Der Tag hatte ihm Spaß gemacht Auch wenn das Wasser für ihn tabu gewesen war und auch dass er sich zu den anderen setzte war keine gute Idee Zum einen wegen seiner Vergangenheit und zum anderen wegen der Kröte Dass sich jemand groß mit ihm unterhalten wollte damit hatte er nicht gerechnet Deswegen hatte er sein Buch dabei gehabt Er war ein Slytherin und ein Todesser Das konnte er nicht leugnen und die meisten der Anwesenden würde er selbst dann nicht anfassen wenn er an einer Klippe hing und sie ihn hochziehen wollten Eigentlich hatte er gehofft dass als sich alle tagsüber von ihm distanziert hatten sie vielleicht abends ins Gespräch kommen würden Er hatte den festen Vorsatz besessen mit Granger zu reden Nichts tiefschürfendes aber er wollte ihr für ihre Mühe danken Eine zweite Chance geben trotz ihres Blutes Er hatte sich Mühe gegeben niemanden zu nah zu kommen aber dass ernsthaft von ihm erwartet wurde dass er sich bei allen für seine Zeit als Todesser entschuldigte fand er schlicht unverschämt Damals damals hatte er keine Wahl gehabt so wie die anderen nie eine wirkliche Wahl besessen hatten und was zwischen ihm und Harry war ging sie alle einfach gar nichts an Ab und an hatte Draco sogar den Eindruck gehabt dass Harry es genossen hatte alleine bei Draco zu liegen und den Sand durch seine Finger rinnen zu spüren sich mal mit niemanden über seine Arbeit den Krieg oder sonst was zu unterhalten zu müssen über was er eben mit seinen Freunden sprach ein letztes Mal schlugte Draco trocken dann zog er sein Buch aus seiner Jackentasche vergrößerte es und schuf ein Lumos über seine Seiten wiederholt spielte er in die Richtung des hell erleuchteten Hauses und vergrub sich zwischen seinen Seiten wenn sie zu Hause wären würde er Harry alles erzählen aber bis dahin sollte er seinen Spaß haben zwischen Harry und seinen Freunden wollte er sich nicht drängen nicht nach allem was Harry für ihn getan hatte ein heftiger Wind zehrte an Dracos Haaren und er schlug das Buch zu inzwischen saß er fast zwei Stunden in dem feuchten Sand und langsam wurde es ihm wirklich kalt der Wärmezauber nur bedingt denn die Kälte fraß sich langsam durch den feuchten Sand an seinen Füßen und seinem Po entlang und die Meerluft hatte ihn hungrig werden lassen er leckte sich über die trockenen Lippen und spielte wieder zu dem Haus aus welchen inzwischen Musik zu hören war welche ab und an von dem ein oder anderen Lachen überdeckt wurde ungelenk rappelte Draco sich auf klopfte sich den Sand von seiner Hose und stieg dann die wieder verziehen nötig hatte er es nicht sich mit diesen Leuten abzugeben welche ihn offensichtlich nicht haben wollten Teil 72 leise öffnete er die Hintertür zur Küche stellte erleichtert fest dass sie leer war und griff sich eine Flasche Wasser welche er durstig zur Hälfte austrack die Tür zum Wohnzimmer war ein Spalt geöffnet und helles Licht sickerte über den Boden vorsichtig schlicht Draco näher lehnte sich gegen die Arbeitsplatte nahm noch einen tiefen Schluck aus seiner Flasche und versuchte einen Blick auf Harry zu erhaschen allerdings verstellte ihm ein ihm völlig unbekannter Mann die Sicht auf den Raum und Draco wollte sich gerade wieder davon machen als ihn ein schriller Schrei innehalten ließ erschrocken webelte er herum hatte sein Stapel in der Hand bevor er sich ganz gedreht hatte die Gespräche hinter der Tür erstarben und nun schrie eindeutig eine Frau auf Draco verkrampfte sich unwillkürlich und stieß die Tür auf keiner achtete auf ihn denn alle scharrten sich um eine junge Frau welche Draco als Muggel erkannte die entweder zu einem der Gäste gehörte oder mit dem ihren Arsch befreundet war was ist passiert fragte jemand Frau der Tränen über die Wangen liefen viele der Gäste begannen nun aufgeregt durcheinander zu rufen und Draco machte Granger aus die sich durch die Masse schob und bei dem Mädchen auf die Knie ging welche anfing zu krampfen Draco senkte den Stab langsam und musterte das Mädchen auf den Boden beobachtete wie ihr gelblicher Schaum über die Lippen lief dann ging seinen Blick prüfend zu dem offenen Schrank und er machte zwei Schritte in den Raum immer noch sah ihn niemand an viel zu gebannt wagen sie von dem Schauspiel das sie auf dem Boden abspielte sie sie krampft ruft einen heiler rief Granger Draco hingegen ging in die Hocke ignorierte das Chaos das um ihn herum ausbrach entzündete ein Lumos und leuchtete unter den Schrank bis er das gefunden hatte nachdem er suchte schon als sie in das Haus gekommen waren hat er die magischen Gegenstände in dem Schrank gesehen jedes magische Kind wusste dass es niemals eine kleine Truhe zu öffnen hatte welche in einem Schrank stand so wie Muggelkinder wussten dass sie nicht die Schere in die Steckdose zu stecken hatten Harry hatte ihm von diesem einen Trank nachgebraut hatte das machte Harry des öfteren wenn Draco in dem kleinen Labor stand die meisten unscheinbaren kleinen Schachtel oder Truhen enthielten verfluchte oder wenigstens magische Gegenstände es war ein Tick von vielen Zauberern magische Gegenstände zu sammeln missmutig musterte Draco die spitze kleine Nadel welche schwarz am Schein seines Stabes funkelte eigentlich dürfte sie gar nicht Jahre der schützende lebende Zauber gelöst es handelte sich um die spitze vom Kamm eines sehr seltenen Tieres welches tief unter der Erde lebte dieses pflanzte sich fort indem er seine Stacheln in kleine Nagetiere schlug und so eine kleine Larve in das Tier trieb innerhalb weniger Minuten starb das Säugetier und die Larve konnte sich in dem Kadaver entwickeln Panik brach langsam um Draco herum aus als die Gäste feststellten dass der Kamin nicht an das Flurnetz angeschlossen war gereizt verdrehte Draco die Augen er schob sich zwischen den gaffenden und aufgelösten ehemaligen Mitschülern hindurch und ging bei Granger in die Knie Malfoy fragte sie verdutzt unterbrach ihn dann aber nicht weiter als Draco die beiden Hände der jungen Frau und einer linken Hand eine winzige blutende Wunde entdeckte mit seinem Stab band er den entsprechenden Arm mit einem kleinen Seil ab und zog so heftig zu dass kein Puls mehr im Handgelenk zu spüren war halt ihren Arm fest sagte er und Granger gehorchte sie stützte sich auf der Schulter des Mädchens und Draco ließ seinen Blick über den Unterarm gleiten bis er knapp über der Armbeuge einen schwarzen Fleck ausmachte behutsam strich mit seinem Stab über die Stelle bis sich die Haut öffnete und zu bluten begann unterstützten drückte er das Blut aus der Vene und als die kleine nur wenige Millimeter große Larve mit herausgeblutet war griff Draco nach einer Servierte welche auf dem Boden lag und wisch das Blut und das Tier mit eine Trigger Larve fragte Granger nach Draco nickte und reichte ihr die Servierte als sie neugierig die Hand danach ausstreckte wie bist du darauf gekommen fragte sie während Draco dem Mädchen dessen Augenlider sich nun langsam bewegten und dessen Krämpfe gestoppt hatten nachdem Draco den Arm abgebunden hatte die Seile um ihre Arme löste der Schaum vor ihrem Mund gab Draco zurück erst jetzt nahm er die Stille um sich herum war und hob den Kopf jemand hatte die Musik ausgemacht und Draco konnte seine ehemaligen Mitschüler atmen hören alle um ihn herum starrten ihn teilweise sprachlos teilweise entsetzt an gib ihr was zu trinken und stell ihr eine Schüssel hin sie wird sich wahrscheinlich übergeben sagte Draco zu Granger welcher verstehend nickte und dann erhob er sich hinter ihm stand der ihre und musterte ihn unwillkürlich wischte Draco sich die voll geblutete hand an seinem hemd ab ich bin schon wieder weg sagte er scharf zu ihm und schob sich an ihm vorbei er erhaschte einen kurzen blick auf Harry welcher ihn verletzt aber auch mit so etwas wie Anerkennung hinterher sah dann schloss er die Tür zur Küche hinter sich und atmete tief durch augenblicklich brach gemurmel hinter der Tür los und Draco verdrehte die Augen als er immer wieder seinen Namen hörte und nun wohl denjenigen erklärt wurde was geschehen war die es nicht verstanden oder nichts gesehen hatten Draco machte Licht trat zum Spülbecken und begann sich die Hände zu säubern er meinte die Würgegeräusche der jungen Frau zu vernehmen und grinste hoffentlich hatten sie schnell genug eine Schüssel für sie besorgt oder vielleicht besser nicht hoffentlich hatte sie den ganzen Boden voll gekotzt gerade als sich die Hände abtrocknete und ein Spruch darüber sprach um sie wirklich sauber zu wissen hörte er deutlich Harrys Stimme die die der anderen übertönte ihr habt was zu ihm gesagt interessiert stockte Draco als er gerade wieder rausgehen könnt ihr es wagen schrie der junge Held und die restlichen Gespräche erstarben erneut was ist denn mischte sich nun auch die Ratte ein rate was die beiden zu meinem Freund gesagt haben nein lass gut sein du kommst ja eh nicht drauf sie haben ihm nahegelegt dass er gehen soll kurz war es still dann fuhr Harry erregt fort ihr seid das letzte vor allem du Seamus ich kann auf solche Freunde verzichten die den Mann an meiner Seite nicht akzeptieren für den ich mich entschieden habe ich mich entschieden habe Draco hat mich zu nichts gezwungen ihr habt kein recht zu bestimmen mit wem ich zusammen bin und mit wem nicht genauso wenig wie ihr zu entscheiden habt wer mir gut tut und wer nicht Harry Stimme überschlug sich gegen Ende aber er war noch nicht fertig soll ich dir was sagen die Quidditch Karten waren von Draco er hat sie dir besorgt und so dank dir es ihm auf mich könnt ihr in Zukunft verzichten schrie Harry außer sich vor Wut und riss die Tür zur Küche auf er erstarrte als er draco sah dann trat er ein und donnerte die Tür hinter sich zu Harry atmete schwer durch während er Draco fixierte der nun nur noch Harry Schatten ausmachen konnte das habt ihr nicht wirklich gesagt fragte nur noch Granger hinter der Tür in der Stille welche immer noch vorhanden war konnte Draco Schritte hören und die Tür wurde wieder aufgestoßen im Türrahmen stand Granger und hinter ihr die Ratte sie hatte Harrys ihre und die Jacke von der Ratte in der Hand ich muss hier raus sonst könnte es passieren dass ich jemandem die Nadel von dem Trigger in den Hals ramme Granger und die Ratte waren ihn auf den Fersen wütend vor sich hingemurmelt stapfte Harry durch den Sand ließ ihn erst wieder los als sie einige hundert Meter von dem Haus entfernt waren und wandte sich zu Draco aus den Augenwinkeln sah er dass sich Harrys Freunde in einem Abstand in den Sand setzten und die Ratte Granger nah zu sich zog Warum hast du es mir nicht gesagt schnauzte Harry Draco an missmutig verschränkte Draco die Arme vor der Brust ich wollte dir nicht den Abend verderben sagte er dann so ruhig wie er konnte erregt fuhr sich Harry durch die Haare machte einige Schritte von Draco weg verharrte dort und atmete wieder tief durch er zu ihm stapfte und ihn an Kragen packte mach das nie wieder wenn jemand egal wer sowas zu dir sagt will ich dass du es mir sagst dass ich ihm den Arsch aufreißen kann hast du das verstanden belustig zog Draco eine Augenbraue nach oben was Harry sehr berechenbar dazu brachte wütend zu schnauben er ließ wieder von Dracos Kragen ab machte einige Schritte von ihm weg und trat gegen einen kleinen Sandhaufen ach scheiße fluchte er und ließ sich auf den Boden sinken kurz zögerte Draco dann trat er neben Harry betrachtete das schwarze Meer und setzte sich neben ihn schweigend saßen sie beieinander bis Harry Dracos Hand in seine nahm und ihn damit sich zurück auf den Sand zog sie sagten nichts betrachteten den sternklaren Himmel über sich stricken sich mit den Daumen über die Hand rücken bis sich jemand hinter ihn räusperte und das Geburtstagskind hinter ihn stand Draco verdrehte den Hals dann setzte er sich auf und sah zu wie der ihre um sie herum ging und vor ihnen stehen blieb es tut mir leid Malfoy na das waren doch mal ganz neue Töne es war dumm was ich gesagt habe ohne dich wäre Cleo wahrscheinlich also ich bin froh dass du da bist und ich würde mich freuen wenn du auch mit einem scheuen und vorsichtigen lächeln auf den Lippen sah er zu Harry welches so gar nicht von diesem erwidert wurde wieder reinkommt vielleicht gibst du uns ja mal eine Chance Malfoy also ich bin Seamus rückartig streckte ja Draco die Hand hin und dieser konnte nicht anders als sich über die Abstrusität der Situation bewusst zu werden gelassen betrachtete er die dargebotene Hand einige Augenblicke lang bis der ihre nervös wurde und sah dann zu Harry welcher seinen Blick erwiderte und seinen Kopf auf seine Knie stützte nehmen sie schon immerhin hat er Geburtstag ist das ein Befehl fragte Draco pikiert nach und Harry nickte mit ernster Miene während sie beide die immer noch ausgestreckte Hand ignorierten na wenn das so ist Draco ergriff die Hand des Gryffindors sagte dann aber gut Seamus aber du darfst mich weiter ein Malfoy nennen Harry neben ihm begann zu kichern und der ihre konnte nur nicken was sollte er auch sonst machen wenn er Harry und Draco nicht wieder von dem Kopf stoßen wollte also kommt rein wann immer ihr wollt ich würde mich freuen das war echt nett von dir sagte Harry als der ihre sie wieder allein gelassen hatte sie wieder auf dem Rücken lagen und die Stille um sich herum genossen welche nur von der Brandung überdeckt wurde schrecklich pflichtete Draco Harry bei und schob sich seinen freien Arm unter seinen Kopf um es bequemer zu haben wieder schwiegen sie einige Zeit bis Draco einen Wärmezauber über sie legte und Harry ein Stückchen näher rutschte Draco spürte die warme Schulter an seiner und betrachtete die Sterne über ihn das war so romantisch und kitschig dass jeder Autor der romantische Romane schrieb neidisch geworden wäre verzweifelt zermattete er sich den Kopf wie er die Romantik torpedieren könnte im Augenblick schwankte er zwischen einem heraufgeschworenen Monster und vielen kleinen rosa Herzen die in den Himmel stiegen dort zerplatzten und den Geruch von verfauten Eier zurück ließen aber irgendwie schienen seine und Harrys Gedanken in absolut unterschiedliche Richtungen zu driften denn während Draco sich für die dritte Methode der Illusion eines weißen Pferdes auf welchem er Harry vorschlagen würde zusammen in den Sonnenuntergang zu reiten schien Harry die romantische Stimmung wirklich nahe zu gehen sie hatten sich gestritten Draco hatte ein Leben gerettet sie hatten sich wieder vertragen und jetzt lagen sie hier in der tief dunklen Nacht starrten die Sterne an und hörten dem Rauschen des Meeres zu die Stimmung oder der Alkohol musste Harry zu Kopf gestiegen sein denn anders konnte sich Draco den Satz nicht erklären welchen der kleine Held in die Stille hinein sagte willst du mich heiraten Teil 73 Langsam tropfte der Satz von Harry in Dracos Kopf Obwohl er ihn deutlich gehört hatte verstand er den Sinn nicht er wusste was diese vier Worte einzeln bedeuteten er kannte jedes einzelne davon aber die vier zusammen aus Harrys Mund zu hören verwirrte ihn sein Kopf war wie leer gefegt und er dachte angestrengt darüber nach was Harry damit meinte unbewusst runzelte er die Stirn betrachtete die Sterne und bis sich nachdenklich auf die lippe diese satz konstellation machte ihm schwierigkeiten weil sein kopf den satz nicht auf dröseln konnte also tat er das einzig logische was er immer tat wenn er etwas nicht verstand er analysierte ihn willst war ein unregelmäßiges verb und es implizierte eine Frage du war ein pronom welches man vor allem bei vertrauten personen verwendete und da sonst niemand anderes da war musste Harry wohl ihn meinen mit dem mich verhielt es sich eh nicht es war der akkusativ von ich und bezog sich somit also auf Harry den sprecher des satzes heiraten war ein schwaches verb es bedeutete dass Harry sich binden wollte er wollte mit ihm die ehe eingehen den rest seines lebens mit ihm verbringen bei Merlins sicherlich heirigen hinterteil panisch riss Draco die Augen auf Harry wollte ihn heiraten Draco schnellte aus der liegenden Position in eine sitzende und riss seine Hand aus Harrys er spürte sein Herz in seiner Brust so hektisch schlagen als ob es ihm gleich durch den Hals rausspringen wollte seine Finger wurden feucht und er spürte wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg während er Harry in der Dunkelheit anstarrte viel konnte er von ihm nicht sehen außer die Brillengläser in welchen sich das matte Licht des Hauses spiegelte was willst du stammelte Draco perplex auch Harry setzte sich auf und biss sich nun selber auf die Unterlippe Unsicher streckte er eine Hand nach Draco aus welcher seine Bewegung beobachtete und als ihm klar wurde dass Harry ihn berühren wollte sprang er auf die Beine Harry ließ die Hand langsam wieder in den Sand sinken was sollte er sagen musste er was sagen die Höflichkeit gebot natürlich dass er jetzt etwas sagte alles in ihm schrie danach nein zu sagen und sich dann so schnell und so weit wie möglich aus dem Staub zu machen aber er konnte doch nicht nein sagen das hier war Harry sein Partner es würde nur noch ihn geben und wenn Draco sich ehrlich gegenüber war dann hatte er früher oder später mit einem Antrag gerechnet aber doch nicht schon jetzt und nicht hier zwischen Tür und Angel aber wann denn dann beim Frühstück zwischendurch beim Sex hätte Harry sich den Ring um den Penis schieben und dann sagen sollen Draco Schätzchen ich habe da was in meiner Hose das du sehen solltest aber das war nicht Harrys Art Harrys Art war überstürzt jemanden einen Heiratsantrag zu machen wenn ihm eben der Kopf danach stand Draco fragte Harry leise und Draco wurde sich gewahr dass er Harry schon seit einigen Augen blicken wenn hatte und einfach nichts sagte jetzt wäre wohl der Zeitpunkt wo er nicken oder den Kopf schütteln müsste irgendwas machen dass Harry sah dass er ihn wenigstens gehört hatte konnte er sich taub stellen Draco fragte Harry nochmal und machte anstalten nun ebenfalls aufzustehen aber Draco wich sofort einige Schritte zurück und hob abwehrend die Hände äh ich ähm Haus stammelte er dann sehr einfallsreich wandte sich ab und versuchte wenigstens einigermaßen würdevoll die Flucht zu ergreifen er blickte über die Schulter sah Harry wenige Meter hinter sich beschleunigte seine Schritte noch mehr bis er schon fast rannte rutschte und schlingerte die leichten Dünen hinauf und hinunter riss die Tür des Strandhauses auf und befand sich inmitten der Geburtstagsparty welche er schon wieder absolut verdrängt hatte schleppend holte er tief Luft Draco rief auch schon jemand ein Arm wurde um ihn gelegt er bekam einen Drink in die Hand gedrückt und wurde in den Raum gezogen wem hatte er erlaubt ihn zu duzen und Draco zu nennen er versuchte sich daran zu erinnern sich an den Typen zu erinnern welcher neben ihm stand und ihm einen Arm um die Schulter gelegt hatte langsam dämmerte es ihm dass das ihr das Geburtstagskind war richtig da war was vor dem Antrag der Antrag Draco musterte das Glas in seiner Hand entschied dass es Alkohol war zog einen kleinen Strohhalm aus dem Glas und trank es auf einen Schluck aus der ihre zog ihn weiter durch den Raum und immer wieder kloppte Draco jemand auf den Rücken dankte ihm oder lächelte ihm zu irgendwie war es ihm lieber gewesen als ihn auch niemand beim Vornamen genannt ihn gemieden gehasst und natürlich nicht angefasst hatte woher sollte er wissen wo die schon mal überall ihre Griffe gehabt hatten Draco wurde bei dem Gedanken leicht übel aber er war sich nicht sicher ob es vielleicht doch davon kam dass er den bitter schmeckenden Alkohol in seinen fast leeren Magen gekippt hatte das ist Cleo sagte der ihre und deutete auf die Couch auf der die Muggel saß immer noch ein wenig blass um die Nase und an der Cola in ihre Hand nippte jemand drückte Draco ein neues Glas in die Hand und als Draco seinen ehemaligen Mitschüler anblickte glaubte er sich dunkel daran erinnern zu können dass dieser ein Hufflepuff gewesen war er könnte kotzen sein Blick ging an den unbekannten Zauberer vorbei zur Eingangstür welche Harry gerade öffnete und eintrat rasch schwandte Draco sich wieder der kleinen Muggel zu und trank auch dieses Gebräu aus welches ihm im Mund und Rachen brannte hey Cleo murmelte Draco und reichte dem Hufflepuff sein Glas welcher sofort wie angestochen losrannte um es erneut zu füllen gut daran könnte er sich gewöhnen aber für etwas anderes als Laufburschen eigneten sich die Deppen ja auch nicht du hast mich gerettet oder fragte die Muggel und blickte zu ihm hoch sie machte keine Anstalten aufzustehen aber Draco konnte darauf verzichten dass er sich erhob ihn auch noch umarmte und ihm dann wegen der vielen Bewegung auf das Oberteil kotzte die Schüssel welche vor ihr auf dem Boden stand sprach eine eindeutige Sprache auch wenn sie sauber aussah hm machte Draco nur und spürte wie der ihre ihm abermals auf die Schulter klopfte ehe er seine Hand und Arm endlich von ihm entfernte der kleine Hufflepuff kam angerannt und brachte Draco etwas zu trinken dieses Mal trank Draco es nicht sondern starrte die Eiswürfel im Glas an als er den Blick hob sah er Harry auf sich zukommen der sich seiner Jacke entledigt hatte schlecht ganz schlecht dem Gesichtsausdruck von ihm zu urteilen wollte er den Antrag entweder zurücknehmen oder er wollte eine Antwort aus Draco pressen furchtbarerweise wusste Draco dass es Letzteres sein würde Augenblicklich ließ Draco sich neben das Mädchen sinken und lächelte ihr zu wie geht es dir denn jetzt fragte er während seine Hand so sehr zitterte dass die Eiswürfe leise klirrten Harry durfte jetzt nicht herkommen um mit ihm zu sprechen und er sah auch wie Harry zögerte als die kleine Muggel ihm um den Hals fiel und leise schluchzte ein wenig hilflos klopfte er ihr auf den Rücken gedanklich machte er sich eine Notiz die Sachen zu verbrennen so viele unwürdige hatten sie berührt danke schniefte sie an Dracos Ohr vielen Dank die anderen haben gesagt dass ich gestorben wäre wenn du nicht diese Nadel gefunden hättest du bist ein Engel ich bin was fragte Draco nach später aus den Augenwinkeln zu Harry welcher unsicher von einem Bein auf das andere trat und ihn ziemlich intensiv anstarrte so als ob er Draco dazu bekommen könnte sich zu ihm zu drehen da blieb er lieber bei der kleinen kotzenden Muggel sitzen wenn es sein musste dann auch gerne bis zum Sankt Nimmerleins Tag er kennt den Begriff nicht half nun der ihre aus und ließ sich auf dem Platz neben Draco sinken während die Muggel ihn los ließ oh murmerte sie verstehend Engel sind Wesen aus der Bibel sagt ihr dir was Draco sah Harry wieder zögerlich näher kommen vielleicht hoffte er auf eine entstehende Gesprächspause Draco drehte sich panisch ganz der Muggel zu und versuchte Interesse zu heucheln nein kenne die Augen der Muggel leuchteten auf und schon begann sie zu berichten was die Bibel und Religion im Allgemein war sie schien unter Zauberern mit ihrem mehr als beschränkten Muggel Wissen auf taube Ohren zu stoßen Draco fand ihre Erklärungen nicht sehr schlüssig aber wenigstens hielt es Harry davon ab näher zu kommen und auch der ihre beteiligte sich rege an dem Gespräch so war es brauchte ganze fünf Minuten ehe Harry aufgab Draco anzustarren als ob er ihn so dazu bekommen könnte zu ihm zu kommen und den Antrag anzunehmen nichts würde ihn jemals wieder in die Nähe des Helden treiben das ist mein Blut oder fragte die Muggel nach einigen Augenblicken des Schweigens und Draco betrachtete sein Hemd auf welches sie deutete tatsächlich zeigten sich darauf tiefdunkle fast schon braune Blutflecken nicht schlimm nuschelte Draco bemerkte dass der Ehre hinter ihm aufstand um sich seinen anderen Gästen zuzuwenden glücklicherweise quetschte sich die Ratte neben ihn und begann seinen Teller voll mit Leckereien die er sich vom Buffet geholt hatte zu vertilgen Draco sah sich vorsichtig um entdeckte Harry bei Granger welche heftig auf ihn einredete und ihre Aussagen mit weit ausholenden Armbewegungen unterstrich Harry hingegen lauschte ihr mit leicht schief gelegtem Kopf hoffentlich hatte er ihr nichts von dem Antrag erzählt der Abend lief weiter und die kleine Muggel schien Draco so dankbar zu sein dass sie nicht von seiner Seite wich sie erzählte ihm alles mögliche und unmögliche aus der Muggel Welt während Draco sich von einem kleinen Hufflepuff essen und trinken liefern ließ und ihr nicht wirklich zuhörte zweimal versuchte Harry sich Draco zu nähern aber sobald er Harry wahrnahm warnt er sich scheinbar interessiert der Muggel zu so dass Harry ziemlich schnell wieder abdrehte sag mal hast du eine Freundin fragte der Muggel ihn als sie nun schon fast zwei Stunden auf dem Sofa saßen und Harry ihn wieder so penetrant anstarrte dass Draco furchtbar übel wurde und diese Übelkeit rührte nicht nur von dem Alkohol her welchen er nun zu Genüge in Erinnerung war und sich in seinen Gedanken nun wie ein schlechter Witz anhörte nein antwortete Draco ihr wahrheitsgetreu und reagierte nicht auf ihre kleine schmale Hand die sich auf seinen Oberschenkel legte keine Zeit sagte er dann schlicht was arbeitest du denn sorry dass ich das nicht schon vorher gefragt habe ich brauche Zaubertränke in einer Apotheke oh wow wow Draco wusste nicht was daran oh wow sein sollte macht das Spaß klar sonst würde ich das ja nicht machen ihre Hand strich seicht über sein Bein und Draco betrachtete erst das Mädchen neben sich und dann die Hand langsam wurde ihm klar warum sie sich so an ihn presste und die ganze Zeit mit dem obersten Knopf ihrer Bluse spielte aber wenn er sie jetzt verscheuchen würde dann würde Harry ihren Platz einnehmen und das wollte er mit allen Mitteln verhindern ich arbeite in einer Software Computer Firma aha murmelte Draco ohne dass er sich sonderlich dafür interessierte was sie sagte sie kam unaufgefordert noch ein Stückchen näher was meinst du jetzt sitzen wir schon fast zwei Stunden hier und ich habe mich immer noch nicht richtig dafür bedankt dass du mein rettender Engel warst ich denke dass ein Kuss ein guter Anfang wäre oder da bin ich aber ganz anderer Meinung unterbrach Harry sie welcher plötzlich vor ihn aufgetaucht war die Arme vor der Brust verschränkt und die Muggel mit einer Mischung aus mühsam unterdrückter Wut und Verachtung taxierte Sein Blick huschte von der Hand auf Dracos Knie zu ihrem Dekolleté und dann zu ihrem Gesicht Das wiederholte sich dreimal und Draco konnte nicht anders als Harry anzugrinsen Und du bist? fragte sie leicht angesäuert und drehte sich ein Stückchen zu Harry um Oh ich bin eigentlich absolut uninteressant mach ruhig weiter aber sei dir sicher dass ich diese Nadel suchen und dir nochmal in die Hand rammen werde wenn du meinen Freund noch ein einziges Mal berührst Nach dieser Ansage welche sich nicht wirklich nach Harry sondern eher nach einem Wieler Herren anhörte betrachtete die kleine Draco verdutzt Du bist andersrum mit dem da? Dramatisch seufzte Draco trank sein gut zwanzigstes oder dreißigstes Glas leer und taxierte seinerseits Harry welcher seinen Zauberstab in der Hand hielt und damit gegen seinen Oberschenkel tippte Er schien es wirklich ernst zu meinen Darf ich dir meinen nervigen Anhang vorstellen Der große Harry Potter der nicht weiß wann er was sagen soll und wann nicht Fluch und erhob sich die Muggel Sie murmelte etwas vor sich hin das Draco nicht sehr nett betitelte die Treue seiner Mutter in Frage stellte und dann verzog sie sich in Richtung der Toiletten während Harry sich neben ihn setzte Draco das Glas aus der Hand nahm und daran roch Teil 74 Du bist betrunken stellte er dann ein wenig fassungslos fest Du bist so klug gab Draco gut gelaunt zurück und lehnte sich gemütlicher an die Couch Lehne Die Geräuschkulisse war zu einem angenehmen einheitlichen Rauschen geworden ihm war wohltuend warm und er hatte vergessen was er vergessen wollte Draco rutschte kurz ein wenig hin und her versuchte sich daran zu erinnern warum er angefangen hatte zu trinken aber ihm fiel es nicht mehr ein Draco fragte Harry legte ihm eine Hand an die Wange und zwang ihn so den Kopf zu drehen murmelte dieser und versuchte Harry scharf zu stellen irgendwie war dieser zweimal ehe Harry sich wieder zu einer Person zusammenschob ist dir schlecht fragte Harry besorgt nach ich denke nicht aber ich will nach hause beschloss Draco und gähnte ungeniert ehe er sich gegen Harry sinken ließ welcher einen Arm seine Schulter legte und ihn zu sich zog oh man Draco murmelte Harry und dann sprach dieser mit verschiedenen Leuten während Draco vor sich und die Nähe und die Wärme genoss welche von ihm ausging Draco fragte Harry ihn und Draco öffnete benommen die Augen sie standen an dem Sandstrand und er hatte seine Jacke an er konnte sich nicht entsinnen dass er sie angezogen hatte geschweige denn dass er aufgestanden und hier raus gelaufen war er schmiegte sich enger an Harrys Umarmung und genoss die starken Arme die ihn aufrecht hielten Draco wir nehmen jetzt den Portschlüssel glaubst du du bekommst das hin irgendwie war Draco klar dass das nur schief gehen konnte aber er nickte trotzdem an Harrys Hals es gab eben keinen anderen Weg um hier weg zu kommen sie waren nicht allein und er glaubte die Stimme von der Ratte zu hören langsam hob er den Kopf und musste ihn dann ein wenig schräg legen als er sah dass Granger die Ratte stützen musste der auch ziemlich benommen in ihren Armen hing über das Bild musste Draco kichern und vergrub sich wieder an Harrys wunderbar war am Hals wo es so schön dunkel war und es nach ihm roch ihr Portschlüssel war eine Plastikflasche auf welche sie alle einen Finger legten und dann weggerissen wurden Draco presste die Augen zusammen und möglichst wenig von der Reise sehen zu müssen und so seinen Magen beruhigen zu können Aufschlagen taten sie in der leeren Portschlüssel Halle in London Granger und Ratte schafften es nicht stehen zu bleiben sie taumelten die Ratte versuchte Granger zu stützen Granger versuchte die Ratte zu stützen und schon schlugen sie beide der Länge nach hin überrascht betrachtete Draco die beiden und war wirklich mehr als perplex dass Harry stand und ihn stützte während sich seine Knie wie Pudding anfühlten Harry schob seinen Stab in die Tasche und geschafft murmelte Draco und kallte sich wieder an ihm fest dass seine Beine nicht nachgaben während sein Magen leise zu protestieren begann eine Schüsse wäre eine gute Idee stehen zu bleiben ein Zauber unwichtig entschied er sprach noch kurz mit Granger ehe er Harry nach Hause und dann ins Bett brachte er ließ Draco auf dem Bett Platz nehmen entkleidete ihn mit einem Wink seines nackt auf der Bettkante saß doch Harry ging nicht darauf ein schwang seinen Stab erneut und beförderte Draco dann unter die Decke am nächsten Morgen nach einem ziemlich starken Trank gegen den Kater und sehr viel Kaffee welchen seine Elfe ihm serviert hatte wohl auf Harrys Befehl oder eher bitte hin setzte Draco sich zu Harry an den Esstisch der schon kräftig am essen war Morgen murmelte er und goss sich ein Glas Orangensaft ein Wieder nüchter neckte Harry ihn gut gelaunt Sein Haar war feucht und er sah danach aus als ob er heute morgen schon joggen gewesen wäre elender fitter Auror Hm machte Draco unbestimmt bestrich sie dann eines der Brötchen mit Nutella und bis hinein Dann nahm er sich den Propheten schlug ihn auf und studierte die Titelseite Harry schwieg ihn an genauso wie Draco Harry anschwieg Den gesamten Samstag und Sonntag verbrachten sie entweder beim Lesen oder zusammen auf dem Besen Eigentlich war Draco den ganzen Samstag zu nichts anderes in der Lage gewesen als ruhig dazuliegen und auszunichtern Auch wenn er Trank half so wusste sein Körper doch was mit ihm angestellt worden war und rächte sich nun Am Sonntag so wie jeden Sonntag flogen sie über die Ländereien um das Männer Doch dieses Mal als es endlich aufgehört hatte zu regnen und sie die letzten Sonnenstrahlen ausnutzen wollten ließen sie keinen Schnatz los und lieferten sich auch kein Wettrennen sie glitten nur nebeneinander durch die Luft und schwiegen sich an Harry hatte seinen Heiratseintrag nicht noch einmal wiederholt und Draco fragte nicht nach er hielt es so wie mit dem Liebes Geständnis er verdrängte beides und hatte damit ziemlichen Erfolg eine ganze Woche lang schwiegen sie über die Geburtstagsparty und alles was davor und vor allem danach passiert war sie aßen zusammen sprachen über unwichtige Dinge welche in der Zeitung standen oder die sie den Tag über erlebt hatten aber Harry fasste ihn nicht mehr an es blieb bei den kurzen und persönlichen begrüßungen und abschiedsküssen wenn sie zur Arbeit ging seit einer Woche hatten sie nun keinen Sex mehr gehabt und Harry wandte ihm sobald sie im Bett lagen den Rücken zu ab und an hatte Draco den Eindruck dass Harry darauf wartete dass Draco etwas sagte aber er dachte nicht daran er hielt es mit dem Antrag so wie er es mit Voldemort hielt er verdrängte beides und ja der Antrag und die Zeit unter Voldemort standen für ihn auf der gleichen Stufe aber nach einer Woche des Schweigens schien es Harry nicht mehr auszuhalten als sie abends zusammen im Bett lagen fragte Harry willst du nichts sagen Draco stellte sich dumm gute nacht du weißt genau was ich meine murmelte Harry in die dunkelheit zwischen ihnen nein das weiß ich nicht gab Draco barsch zurück und nun drehte er Harry den rücken zu er hörte wie Harry einige Augenblicke lang mit sich selber rang ehe er schnaubte und sich dann selber umdrehte eine weitere Woche schwiegen sie sich an auch ihr Smalltalk nahm rapide ab und Harry schien von Tag zu Tag schlechtere Laune zu bekommen am nächsten Sonntag abends dem ersten Juni drehte Harry sich zu ihm um und Draco bekam ein ziemlich flaues Gefühl im Magenbereich Harry würde ihn dieses Mal nicht mehr von der Angel lassen was fragte Draco deswegen leise nach und seine Finger krampften sich in der Bettdecke fest er hatte zwei Wochen Zeit gehabt um sich darüber klar zu werden was er wollte und er wusste dass er sich selber nicht einig werden konnte auch wenn das natürlich nicht das gelbe vom Ei war Harry war sein Partner und sie würden wenn Harry sich nicht irgendwann aus dem Staub machen würde für immer zusammen bleiben auf der anderen Seite hatte eine heirat etwas so endgültiges sie wären ein Paar gebunden und Draco würde sich nie wieder einreden können dass er immer noch frei war alles zu tun was er wollte bis jetzt hatte er ganz gut damit gefahren dass Harry zwar bei ihm wohnte aber das nur eine Zweckbeziehung war auch wenn sie schon seit einiger Zeit über dieses Stadium hinaus waren wann immer Draco wollte könnte er Harry in seine alte Wohnung zurückschicken und sie würden sich wieder nur zum Frühstück treffen und die Abende und Nächte in verschiedenen Betten verbringen ein Satz würde reichen daran klammerte Draco sich um sich nicht in der Situation zu verlieren aufzugeben Er wollte immer noch eine reinbütige Frau heiraten und ein genauso reinbütiges Kind mit ihr zeugen Auch wenn das niemals in Erfüllung gehen würde klammerte Draco sich an diesen Traum wie ein Ertrinkender Wenn er Ja sagen würde würde er seinem alten Leben mit allen Wünschen und Hoffnungen für immer den Rücken zukehren müssen und das wollte er nicht Ich hätte gerne eine Antwort auf vor zwei Wochen sagte Harry ruhig Er schien sich auf dieses Gespräch vorbereitet zu haben Ich weiß nicht was du meinst stellte Draco sich taub und fummelte an seiner Decke herum Das weißt du sehr wohl Ich würde gerne eine Antwort bekommen Du hattest genug Zeit zum Nachdenken und jetzt will ich ein Ja oder Nein von dir hören Nervös bist Draco immer wieder die Zähne zusammen dann wandte er den Kopf Harry zu Du hast das überhaupt nicht durchdacht Du sagst einfach was dir in den Kopf kommt warf er Harry vor welcher tief durchatmete Das kann sein aber nichts desto trotz meine ich das ernst Du hast nicht mal Ringe gekauft machte Draco gleich weiter Ich habe keine Lust zwischen Tür und Angel abgespeist zu werden Es liegt also an den Ring gut die kann ich gerne besorgen wenn das dein einziges Problem ist Das ist nicht mein einziges Problem fuhr Draco auf und setzte sich hin Auch Harry drückte sich hoch zog sich die Decke über den Schoß und blickte Draco wartend an Da das Licht immer noch brannte konnte Draco Harry sehen Harry sah erschreckend jung aus ohne seine Brille Was denn noch Alles Ich will deinen mitleidigen Antrag nicht haben Heißt das Nein fragte Harry nach Seine Stimme zitterte Verwut und Enttäuschung Kurz stockte Draco Was wenn er jetzt Nein sagen würde würde Harry dann gehen Konnte er ihn so vor den Kopf stoßen Und fauchte Harry ihn an als Draco nicht sofort reagierte Entscheide dich mal bitte dass ich endlich weiß wo ich bei dir stehe stehst du endlich mal zu mir oder brauchst du noch mehr Zeit unwillkürlich zog Draco die Schultern ein wenig hoch Er wusste nicht was er wollte also schwieg er doch Harry schien sein Schweigen falsch aufzufassen schön dann brauche ich auch nicht mal hier zu schlafen oder schnauzte er ihn schlecht gelaunt an und stand auf Draco schwieg weiterhin vielleicht war es gut wenn sie einige tage ohne den anderen verbrachten vielleicht würde er sich dann endlich klar werden was er wollte warum machte Harry das kaputt was zwischen ihn war es lief so gut und nun musste er ihm diesen total sinnlosen antrag machen am 4. Juni kam Harry nach der Arbeit wieder nach Hause setzte sich zu Draco an Tisch dankte der Hauselfe für das zweite Gedeck und begann dann zu essen wie war dein Tag fragte er zwischen zwei Bissen als sei er nie fort gewesen und betrachtete Draco small talk fragte Draco nur zurück und schnitt sein Fleisch in mundgerechte Stücke Harry seufste leise auf ehe er Draco leicht verbittert anblickte ich muss mich wohl daran gewöhnen dass es von meiner Seite aus mehr Gefühle gibt als von deiner verdutzt hob Draco den Kopf stimmt er hatte Harry niemals seine Liebe erwidert und Hermine meinte dass ich dich nicht so bedrängen soll immerhin kennen wir uns erst seit knapp fünf Monaten ein wenig enger Harry versuchte sich an einem lächeln welches ihm aber auch nicht wirklich gelang er sei immer noch mehr enttäuscht und verletzt als wirklich glücklich aus machte Draco und schob sich ein Stück des Fleisches in den Mund kaute darauf herum und betrachtete sein Gegenüber welches leicht die Lippen verzog als Draco nichts weiter dazu sagte aber was sollte Draco auch sagen seine Probleme hatten sich gerade von alleine gelöst den Abend verbrachten sie wieder schweigend jeder in sein eigenes Buch vertieft ehe sie zusammen ins Bett ging von Harry ging immer noch eine enttäuschte Stille aus und Draco hatte den unweigerlichen Eindruck dass Harry innerlich noch kochte dass Draco nicht zu ihm stehen konnte ironischerweise hatte sich das gedreht anfangs wollte Harry zu ihm stehen und nun konnte Draco nicht ja sagen Teil 75 Am 5. Juni schlug Draco die Augen auf und lächelte leicht sein erster Geburtstag den er nicht alleine verbringen würde die vorherigen Jahre hätte Draco sich nochmals umgedreht und sein Kopf deprimiert oder sein Kissen geschoben aber das würde sich jetzt ändern immerhin hatte er nun einen Partner vorzuweisen Harry war bei ihm und vielleicht hatten sie heute Abend seit dem unmöglichen und unpassenden Antrag mal wieder Sex Geburtstag Sex um genau zu sein hieß dass Draco zum zweiten Mal aktiv sein würde er setzte sich auf und sah dass sein Nachtisch leer war wie die Jahre zuvor aber vielleicht hatte Harry sich auch etwas für später überlegt selbst wenn er immer noch sauer war würde er sicherlich nicht einfach den Geburtstag seines Partners übergehen dafür war er zu sehr gut mit warum war er sonst gestern Abend wieder gekommen nachdem Harry drei Tage bei Granger und der Ratte auf der Couch geschlafen hatte wenn nicht um den Tag mit Draco zusammen zu verbringen Draco hörte Harry unten im Esszimmer mit den Hauselfen reden und er machte sich daran sich selbst herzurichten er spürte wie aufgeregt er war und dass ein dämliches Grinsen in seinen Mundwinkeln einfach nicht kurz vor der Bescherung und bevor er ins Esszimmer kam atmete er tief durch Harry war da es tat ihm so unglaublich gut nicht alleine zu sein dass es schon fast das schönste Geschenk war nachdem er die Tür geöffnet hatte sah er Harry der im stehen seinen Kaffee trank und sich nebenher seinen Umhang anzog Morgen Draco ich bin spät dran wir haben einen Einsatz haben einen schönen Tag damit hob er kurz die Hand schnappte sich seine Unterlagen und hetzte aus dem Zimmer verdutzt und immer noch mit der Klinke in der Hand blickte er Harry nach und richtete seinen Blick dann auf den Frühstückstisch kein Geschenk aber das würde Harry ihm sicher heute Abend in aller Ruhe geben wenn er wieder da war um seine Enttäuschung über diesen rüden Abgang ein wenig zu lindern setzte Draco sich und blickte dann auf die Pancakes welche seine Elfe vor ihm auf den Teller schob Seit er zurückdenken konnte hatte es immer an seinem Geburtstag Pancakes gegeben Es war eine schöne Tradition und er konnte ein Lächeln nicht verkneifen welches er seine Elfe schenkte die einen Knicks machte und dann sagte Alles Gute zum Geburtstag Draco Malfoy Sir Draco hatte einen Kloß im Hals und er nickte dankbar während er nach der Zeitung griff Er ignorierte den Geruch der Pancakes auf seinem Teller blätterte durch die Seiten bis er auf der Anzeigenseite landete Früher hatte sein Vater immer eine halbe Seite gemietet gehabt auf welcher jeder lesen konnte dass Draco wieder ein Jahr älter geworden war und wann die offizielle und öffentliche Feier stattfinden zu veranstalten über das noch Wochen später gesprochen worden war natürlich war das während der Zeit und da wollte Mord nicht mehr vor gekommen jetzt suchte Draco aufgeregt die kleinen Anzeigen und Glückwünsche ab bis er ziemlich weit unten und sehr klein und unscheinbar in der Ecke das fand was er gesucht hatte alles gute zum Geburtstag mein lieber Sohn du wirst auch dieses Jahr deinen Weg finden ich bin gedanklich immer bei dir und halte dich in den dunklen Stunden du bist niemals alleine deine Mutter wieder musste Draco heftig schlucken und er las die überschaubaren Zeilen noch einmal seit er keinen Kontakt mehr mit seiner Mutter haben durfte bekam er jedes Jahr aufs Neue eine kleine Botschaft von ihr sie beide wussten wie gefährlich es war dass seine Mutter ihm diese Zeilen zukommen ließ aber Draco erwärmte es das Herz als er die liebevollen Worte las er war sich nicht sicher gewesen ob er auch dieses Jahr Glückwünsche bekommen würde nachdem sie seine Gene gegen ihn gewandt hatten aber seine Mutter schien ihn immer noch zu lieben per Zauber schnitt er das kleine Kästchen aus und lehnte es gegen die Marmelade um es betrachten zu können wie seine Mutter es aber sie hatte da sicher ihre Kontakte die Arbeit war immer anspruchsvoll und gleichzeitig entspannte Draco sich dabei sein Kopf leerte sich so wie die letzten Tage und er konzentrierte sich ganz auf das Rezept vor sich wenn er braute dann waren seine ganzen Probleme mit Harry der Wieler und der Antrag der jegliche Fortschritte zwischen ihnen kaputt gemacht hatte weit weg und Draco war in seinem Element Muff Loi rief sein Chef aufgeregt als Draco sich gerade seinen Umhang umlegte um Feierabend zu machen er watschelte durch den Raum dies dabei fast ein fertiges Paket vom Tisch und blieb dann vor Draco stehen hier sagte er dann außer Atem und hielt Draco ein kleines Säckchen hin als Draco es in die Hand nahm legte der Alte noch ein Pergament darauf alles Gute zum Geburtstag tut mir leid dass ich dir das jetzt gebe aber mein Kopf ist immer so voll mit allem anderen entschuldigend lächelte er entblößte dabei seine mehr grauen als gelblichen Zähne und sah nun wirklich einem kleinen Gnum ziemlich ähnlich wieder hatte Draco ein Kloß im Hals das wäre nicht nötig gewesen Sir doch Anderwund winkte nur mit seiner knüchrigen Hand ab schon gut mein Junge es ist nichts besonderes du hast doch gesagt dass du Mondsamen suchst ich habe welche mitbestellt als ich sie gesehen habe Mondsamen waren nicht teuer nur sehr schwer zu finden da sie nur selten in Zaubertränken Verwendung fanden und Draco hatte sich halb dämlich danach gesucht wenn man die richtigen Kontakte hatte so wie Underwood dann war das sicherlich ein kleines Problem aber Draco konnte nur in öffentlichen Apotheken einkaufen gehen welche die Samen nicht auf Lager hatten niemand würde für ihn die Augen offen halten danke Sir murmelte Draco und leckte sich über die Lippen nicht der Rede wird mein Junge aber ich will den Trank sehen wenn er was wird sagte er gut gelaunt klopfte Draco aufmunternd auf den Unterarm und begab sich dann wieder in den Verkaufsraum Draco wollte versuchen einige Tränke einfacher zu machen und wenn Monsam den einen Trank dazu brachten innerhalb von zwölf Stunden durchgezogen zu sein wieso sollte es dann nicht bei einem anderen Trank der fast einen Monat ziehen musste nicht auch funktionieren zu Hause angekommen las er die netten Geburtstagswünsche von seinem Chef und dessen Frau und legte sie dann zu dem kleinen Zeitungsausschnitt während er auf Harry wartete normalerweise kam Harry meist kurz vor oder nach ihm also konnte es sich nur Minuten handeln weswegen Draco sich an den Tisch setzte ihnen Wein einschenkte und dann wartete die Minuten verstrichen erst um sieben eine Stunde nach Draco kam er herein setzte sich gruselos und schreife sich die Schuhe von den Füßen und lehnte sich aufseufzend an seinen Stuhl zurück ach du hast keine Ahnung was für einen Scheißtag ich hatte murrte er strich sich durch seine Haare während er sich hungrig etwas auf den Teller schaufelte und sich sofort zwischen die Zähne schoben ich hatte nicht mal was zum Mittag beklagte er sich mit vollem Mund weiter Draco beobachtete Harry dabei wie er sich kurze Zeit später ausgehungert eine weitere Portion nahm und davon berichtete wie sie einen flüchtigen Zauberer durch halb England Frankreich und Deutschland gejagt hatten Scheißtag eben schloss Harry und sah dann zu Draco hoch und bei dir Harrys Distanziertheit war für Draco deutlich zu hören nicht nur weil er beim Sprechen Draco nicht ein einziges mal angesehen hatte und stattdessen lieber mit dem Reis auf seinem Teller sprach sondern auch weil er Draco zur Begrüßung nicht den obligatorischen Kuss gegeben hatte Harry hatte ihm die Zurückweisung immer noch nicht verziehen sein Blick war kühl als er jetzt zu Draco sah und seine ganze Haltung war ablehnend er blickte ihn zwar an aber Draco hatte nicht wirklich den Eindruck dass er hören wollte was er zu sagen hatte ging sagte er deswegen nur und kaute dann auf einem Kartoffelstückchen herum hm machte Harry nicht sehr tiefsinnig und lehnte sich zurück oh man ich bin echt fertig ich denke ein Bier Chips und ein schlechter Film ist jetzt genau das richtige damit rappelte er sich hoch fragte nicht nach ob Draco mitkommen wolle und verließ den Raum Draco starrte die geschlossene Tür an und senkte dann den Blick auf seinen halbvollen Teller Harry hatte es vergessen Harry hatte ihn vergessen Harry hatte seinen Geburtstag vergessen oder er ignorierte ihn mit Absicht Übelkeit breitete sich in Draco aus und er schluckte einige Male heftig während er nochmals zu der geschlossenen Tür schielte aber er hörte Harry nur mit der Elfe sprechen Lustlos und ziemlich einsam stocherte er wieder in seinem Essen herum er zerdrückte das Gemüse zu einem unappetitlichen Brei früher war es besser gewesen da hatte er gewusst dass sich niemand für ihn interessierte aber jetzt nichts zu bekommen und sich darauf gefreut zu haben machte es nur noch viel schlimmer er entschied sich dagegen es Harry zu sagen nichts zu bekommen war besser als das Mitleid in Harrys Blick zu sehen genau dieses Mitleid hatte ihn in der Schule dazu gebracht Harry anzugreifen und er hatte damals den Kürzeren gezogen nochmal würde ihm das nicht passieren Draco 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 auf ging ins Wohnzimmer wo Harry schon auf der Couch saß die Füße auf dem Beistelltisch liegen hatte und ein Bier in der Hand hielt er hatte sich Hose und Oberteil entledigt und lümmelte jetzt nur in Boxershorts und T-Shirt bekleidet auf dem Sofa herum Draco setzte sich neben ihn und betrachtete Harry unauffällig welcher dem Film folgte und immer mal wieder ein Schluck aus der Flasche nahm Draco sagte er nach guten fünf Minuten nachdenklich streckte die Hand nach ihm aus und strich ihm sanft über die Wange Es war das erste Mal dass Harry ihn liebevoll berührte und Draco konnte ein Lächeln nicht verhindern als er Harrys warme Finger an seiner Wange und Kiefer spürte Doch dann fiel Dracos Blick auf Harrys Hose unter welcher sich eine ziemlich deutliche Erektion abzeichnete Merlin sei Dank sie würden Sex haben und endlich würde sich alles wieder fügen sie würden auf ihr früheres Level zurückkehren selbst wenn es nicht der erhoffte aktive Part sein würde er rutschte ein wenig näher an Harry heran welcher ihm mit den Finger am Hals entlang fuhr den Kopf ein wenig schief legte und dann meinte würdest du bitte und dann mit dem Kinn zu seiner Erektion nickte innerlich erstarrte Draco war das sein ernst wollte Harry jetzt wirklich einen Blaujob bekommen ich dachte das wäre vielleicht richtig fragte Draco nach und Harry hob eine Augenbraue eine Geste die er sich sicherlich von Draco abgeschaut hatte und die genauso herablassend aussah denkst du wirklich dass ich jetzt schon wieder mit dir schlafen würde nachdem du meinen Antrag so eiskalt abserviert hast ehrlich gesagt habe ich da wenig Lust drauf sie es doch als kleine Wiedergutmachung Harry war also immer noch angefressen wenn er nicht so wütend wäre dann würde er so etwas niemals sagen oder von Draco verlangen vielleicht schlugen gerade die Gene an Harry war ein wieler Herr und Draco doch dafür bestrafen zu wollen obwohl ein Blowjob weil ich keine echte Strafe war vielleicht sollte Draco es einfach tun und Harry danach bitten mit ihm noch etwas zu unternehmen er musste Harry ja nicht sagen was heute für ein Tag war aber sie könnten vielleicht in eine Ausstellung gehen dann würde der Tag für Draco etwas Schönes beinhalten Harry würde sich nicht mies fühlen weil er es vergessen hatte und Draco würde nicht den mitleidigen Blick von Harry ausgesetzt sein also hatten sie beide etwas davon würdest du mit mir vielleicht in eine Ausstellung gehen sie hat heute geöffnet und es ist deswegen bis Mitternacht offen fragte Draco nach und beobachtete Harrys Reaktion mal schauen aber erst mal würde ich zu gerne deinen heißen Mund zwischen meinen Beinen spüren war das ein Befehl es hatte sich zwar nicht direkt danach angehört aber Harry strich ihm wieder sanft über den Nacken und zog ihn ein wenig zu sich Draco schluckte seinen Stolz und den Unwillen herunter glitt von der Couch und kniete sich auf den Boden vor Harry welcher schon aufgeregt seine Unterhose herunter zog und mit einer Hand seine Erektion massierte schon jetzt war der harte Zug um Harrys Mund nur noch zu erahnen Draco würde das jetzt einfach machen es dann vergessen und vielleicht würde es Harry endlich ein wenig beruhigen ein Geschenk musste er nicht mehr von Harry erwarten er würde keines bekommen Teil 76 ruhig legte Draco seine Hände um Harrys Erektion begann ihn sanft zu reiben während er einen letzten Blick nach oben riskierte wenigstens hatte Harry entspannt die Augen geschlossen und sah nebenher nicht in die Muggelkiste Draco murmelte einen unhörbaren Reinigungszauber auf Harry ehe er seine Lippen an die Spitze setzte nicht dass Harry müffelte aber besonders zwischen den Beinen konnte es unangenehm werden langsam öffnete Draco den Mund fuhr mit der Zunge genauso langsam um die Eichel und hörte Harry wohlig brummen mit einer Hand massierte er weiter setzte sich ein wenig bequemer hin und beugte sich tiefer über Harrys Penis dass er diesen tiefer aufnehmen konnte während Draco Harrys Hände in seinen Haaren spürte welche begann ihm einen härteren und tieferen Rhythmus aufzuzwingen überlegte Draco dass Harry wohl kaum nichts von seinem Geburtstag wissen konnte es war früher ein riesiges Event gewesen was wenn Harry ihn mit Nicht Achtung strafte aber dafür war Harry eigentlich nicht der Typ hoffte Draco auf jeden Fall während er immer tiefer auf Harrys steifen Penis dirigiert wurde er spürte wie die Spitze seines Rachen reizte und er zog sich zurück Harry müsste den Widerstand spüren den Draco ihm gab denn auch er ließ kurz locker ließ Draco durchatmen ehe er ihn sanft wieder tiefer drückte als Harry kam schluckte Draco setzte sich dann auf die Couch und fuhr sich über die Lippen Harry neben ihm sah auf jeden Fall sehr viel befriedigter und zufriedener aus er lächelte Draco sogar kurz an zog sich seine Unterwäsche wieder über und wandte sich dann wieder dem Fernsehprogramm zu Harry fragte Draco noch einigen Minuten in welcher Harry seine Beine wieder auf dem Couch Tisch platziert hatte würdest du noch mit mir ausgehen fragte Draco nach seufzend drehte Harry Muss das sein maulte er schlecht gelaunt Eigentlich musste das sein Nein sagte Draco leise und stand dann auf Er fühlte sich benutzt und beeilte sich aus dem Raum zu kommen Nicht dass er losheulen würde aber mies fühlte er sich trotzdem Er lehnte sich mit den Rücken gegen die geschlossene Tür und lauschte ob Harry ihm vielleicht folgen würde Aber Harry wechselte nur das Programm und die erste Werbemelodie lief Draco ging duschen putzte sich die Zähne und um acht kam er wieder runter Er richtete sich die Schnallen an seinem Umhang und Harry verdrehte den Kopf als er durch das Wohnzimmer lief er aufstand und sich ganz zu ihm drehte Wo gehst du hin fragte er verdutzt nach Die Ausstellungseröffnung erinnerte Draco Harry Es tat verdammt weh mit einer solchen Nicht Achtung gestraft zu werden aber er würde es Harry nicht sagen und ihn schon gar nicht ein zweites Mal um seine Begleitung bitten sollte er es eben selber rausfinden und dann vom schlechten Gewissen vergehen Mensch Draco warum muss das denn heute sein wir können doch auch morgen gehen dann komme ich auch mit zu der dämlichen Ausstellung aber heute bin ich zu groggy lass stecken Potter schnauzte Draco ihn an wirklich ich brauche dein Mitleid nicht ich will es nicht du hast mich gefragt ob ich dich heiraten will und ich will es nicht du hast mir eine Wahl gelassen und ich habe gewählt ich will es noch nicht also lebe damit und jetzt lass mich in Ruhe Harry erhob sich und strebte auf Draco zu obwohl Draco seine Schritte beschleunigte verstellte Harry ihm den Weg und funkelte ihn wütend an während er seine Arme vor seiner Brust verschränkte ich habe das sehr ernst gemeint du hattest nicht mal Ringe dabei ich will dein verdammtes Mitleid nicht haben ich kann gut alleine leben und jetzt will ich los doch Harrys Hand schnellte vor und hielt ihn am Oberarm fest was ist dein Problem gab Harry nicht minder wütend zurück du machst mir einen Antrag und weißt nichts von mir gar nichts natürlich weiß ich vieles von dir du weißt ja nicht mal wann ich geboren wurde irgendwann im September gab Harry zurück und funkelte Draco an irgendwann im September echohte Draco nicht schlecht Potter als ob du wüsstest wann ich Geburtstag habe murmelte Harry und lockerte den Griff um Dracos Arm 31 Juli 1980 kurz bis Harry sich auf die Unterlippe als Draco ohne Zögern das richtige Datum nannte das war Zufall nuschelte er undeutlich nein war es nicht du magst am liebsten süße Sachen aber aufs Brot magst du lieber Käse oder Schinken du kennst dich mit Wein nicht aus und trinkst ihn nur mir zuliebe du hast Konfektionsgröße M oder S kommt auf den Schnitt an deine Lieblingsfarbe ist sehr klischee auf rot du hast es früh auf zu stehen du magst eigentlich keinen Kaffee trinkst ihn aber um wach zu werden du vermisst deinen toten Paten mehr als deine Eltern und das bereitet dir ab und an Gewissensbisse du hast dir schon immer eine große Familie gewünscht und liebst das liebevolle Chaos bei den Wieseln du findest die Pullover der Wieselmutter furchtbar aber du liebst sie weil es zeigt dass sie an dich denkt und Zeit sowie Mühe in dich investiert hat Geld ist dir absolut egal so egal dass du manchmal vergisst wie wichtig es anderen ist und du sie deswegen verletzt soll ich weitermachen fragte Draco mit erhobener Stimme und riss den perplexen Harry den Arm weg Draco war schon halb durch den Raum als er Harrys leise Stimme hörte du hast heute oder ohne stehen zu bleiben zeigte Draco Harry den Mittelfinger über die Schulter und apparierte dann sobald er auf dem dafür vorgesehenen Bereich stand Draco schließe die Kapuze vom Kopf sah sich kurz unsicher um und schob sich dann durch die Massen an rauchenden Muggeln ins Innere es war hier warm und trocken und Draco atmete auf als er sah dass noch mehr Muggel Anzüge trugen er öffnete den Umhang und gab ihn an der Garderobe ab kurz scannte er die Anwesenden ab suchte nach bekannten Gesichtern oder möglichen Zauberern sah oder erkannte aber niemanden es wundert ihn auch nicht wirklich immerhin war das hier nur eine unbedeutende kleine Stadt in Deutschland Der Portschlüssel war recht teuer gewesen da er nicht angemeldet gewesen war aber er war ihm ohne weitere Fragen ausgängigt worden auch wenn die Frau ihm einen kurzen Zweifel im Blick zugeworfen hatte als er seinen Namen nennen musste welcher auf einem Pergament unter den ganzen anderen Zauberern vermerkt worden war die heute das Land verlassen hatten zufrieden griff Draco sich nun ein Glas mit der Besichtigung und erhielten sich jetzt und stopften sich mit Schnittchen voll so hatte Draco seine Ruhe nachdem er den Vorraum durchquert hatte die Galerie stellte einige weniger bekannte Künstler aus ziellos strebte Draco durch die Räume wie immer würdigte er die Bilder nur eines kurzen Blickes und das meiste sprach Draco nicht sehr an es war viel Kubismus und Fotorealismus vertreten was wiederum hieß dass Draco entweder nichts erkannte oder ihm zu viele Muggel Gegenstände entgegen blitzten eigentlich mochte er eher magische Gemälde aber er konnte auch einige Muggel Maler schätzen und auch dieses Mal blieb er vor einem Bild hängen der Name wie ihm das weiße Schildchen neben dem Bild verriet war Jigal Osiri sagte ihm aber nichts allerdings reizte welche den Blick gesenkt auf ihr rosa Kleid hielt welches sie trug sie hockte den Betrachter zugewandt auf dem Boden welcher von trockenen Blättern übersät war hinter ihr ratten kahle Äste bis in das Wasser eines Sees Draco nahm einen Schluck und musterte das Bild eingehend er schien gemalt worden zu sein war aber gleichzeitig so real als ob die rothaarige gleich den Blick heben würde nachdenklich bewegte er die Finger und legte eine kurze Illusion auf das Bild sodass die Haare der Frau hellblond wurden dann grinste er leicht vor sich hin der gute Künstler hatte zweifelsohne eine Wieler vor sich gehabt und ihr nur wegen der Komposition rote Haare verpasst langsam trat er näher und betrachtete die junge Frau er musste dieses Bild haben egal wie viel es kostete mit einer weiteren Handbewegung ließ er die Illusion wieder verschwinden auch wenn die Frau auf dem Bild rote Haare hatte so sah sie doch nicht aus wie Kröte die Kröte sah nicht so zerbrechlich aus wie die Frau auf dem Bild Draco nahm noch einen Schluck und trat dann von dem Bild wieder zurück er würde es kaufen jetzt nachdem es den Krötentest bestanden hatte 5. Juni 1980 du magst zum Naschen Süßes sowie Salziges aufs Brot bevorzugst du immer Fleisch du liebst Wein besonders den Jahrgang 1980 und dann französische Weine du trinkst den roten lieber als Weißwein wenn du Muggelkleidung trägst dann trägst du Größe M deine Lieblingsfarbe ist genauso klischee oft schwarz bei Klamotten und grün bei sonstigem früh aufstehen macht dir nichts aus auch wenn du dich gegen Ende immer weniger mit ihm identifizieren konntest du willst eine reinbildige Frau heiraten und willst mit ihren Erben zeugen so wie schon so viele Generationen der Malfoys vor dir du willst ihm deinen Namen weitergeben und willst nicht dass du derjenige bist welcher das Blut verunreinigt nachdem du der letzte der Black und der Malfoy Linie bist ach ja du hast Chaos du aber dir ist wichtig dass du immer genug hast und du versuchst es zu vermehren wo du nur kannst Draco wandte sich Harry zu der sich wirklich in einen neuen Anzug gezwängt hatte die Draco für sie ausgesucht hatte er schob sich einen kleinen Spickzettel zurück in die Hosentasche und zuckte dann entschuldigt mit den Schultern ich musste mir deine Erinnerung nochmal ansehen und habe dann mit geschrieben langsam trat er neben Draco und betrachtete das Gemälde das Draco sich kaufen wollte das ist wirklich schön das Mädchen sieht ein wenig aus wie Fleur nur mit roten Haaren sie schwiegen beide einige Zeit bis Harry schließlich sanft seine Finger in Dracos schob es tut mir leid dass ich es vergessen habe ich habe nichts anderes von dir erwartet gab Draco rückt zurück und betrachtete die feinen Äste der Bäume welche bis ins Wasser hingen wieder schwiegen sie einige Zeit lang bis Harry sagte ich werde mir morgen frei nehmen und dann machen wir wonach immer dir der Sinn steht ein Geschenk werde ich dir auch kaufen aber ich brauche ein bisschen Vorlauf bis ich etwas passendes gefunden habe wärst du es wieder vergessen fragte Draco nur zurück die Geschenke sind mir ziemlich egal ich kann mir kaufen was immer ich will und ich lege auch keinen Wert darauf dass du mich einen Tag lang bemutterst Draco setzte sein Glas an die Lippen und stellte fest dass es leer war nein Draco ich werde es nicht mehr vergessen wieder schwiegen sie eine ganze Weile betrachteten das Mädchen welches sie nicht anblickte bis Harry seine Hand Handfläche zwei goldene Ringe ich habe Ringe sagte er mit gebrochener ein wenig piepsiger Stimme und Draco betrachtete die beiden schmucklosen Verlobungsringe wieso zwei fragte er nach ich habe gelesen dass es nicht unüblich ist dass beide einen Ring tragen vor allem wenn es zwei Männer sind dann muss keiner fragen wer wem den Antrag gemacht hat du hast gelesen fragte Draco zweifelnd nach und sah Harry immer noch nicht an naja Hermine hat es mir gesagt nachdem sie mir in den Hintern getreten hat Granger ist meiner Meinung fragte Draco nach und wünschte sich dass sein Glas wieder voll wäre dass er daran nippen konnte um wenigstens irgendwas zu machen ja sie meinte ich wäre ein unzivilisierter Bergtreu gewesen waren das nicht mal meine Worte gewesen nun lachte Harry leise auf und Draco sah ihn aus den Augenwinkeln nicken dann wurde sein Ausdruck wieder ernst ich weiß dass wir uns noch nicht richtig kennen vielleicht verstehen wir uns auch niemals zu 100% vielleicht lernen wir uns auch jeden Tag ein wenig besser kennen und verstehen ich weiß so gut wie kaum etwas über dich Draco und du weißt genauso wenig über mich ich habe keine Ahnung was du gemacht hast als du unter Voldemort gedient hast ich weiß nicht warum du das dunkle mal angenommen hast und ich weiß bis heute nicht warum du mich so sehr hasst nur weil ich deine Hand ausgeschlagen habe ich weiß so wenig von dir und du wahrscheinlich noch weniger von mir aber was ich weiß ist dass wir zusammen gehören du kannst nicht mehr ohne mich und ich will nicht mehr ohne dich sein ich will dich an meiner Seite haben weil ich nicht mehr haben will dass irgendjemand meint sagen zu können dass du dort nicht hingehörst ich will dich bei mir haben weil ich dich beschützen will und ich will dich an meiner Seite wissen weil ich dich liebe auch er sah Draco noch nicht direkt an sondern hatte seinen Blick starr auf die rothaarige gerichtet nicht Draco es ist mir egal wann du es zu mir sagst ich weiß dass du es tust und das genügt mir ich will mit dir zusammen sein weil ich dich liebe und mir inzwischen mit niemand anderem mehr eine Zukunft vorstellen kann wir werden uns streiten hassen anschreien und wahrscheinlich wenn ich einige Nächte in unterschiedlichen Betten verbringen müssen da bin ich ziemlich realistisch aber ich weiß dass wir immer wieder zusammen finden werden du bist meine Wila und wenn die Wila wählt wählt sie immer die Partner die perfekt zusammen passen oder ich traue deinem urteils vermögen ich werde mich hinknie wenn du willst aber ich bezweifle dass du das wirklich willst deswegen Harry machte zwei Schritte nach vorne um vor Draco zu stehen und lächelte ihn schüchtern mit geröteten Wangen an willst du mich heiraten Draco Malfoy und mich lieben hassen mit mir schlafen mich umbringen wollen mit mir streiten und dann wieder vertragen mit mir leben und mich am liebsten rausschmeißen wollen Draco betrachtete Harrys offenes und lächelndes Gesicht dann glitt sein Blick auf die beiden Ringe auf Harrys Handfläche langsam streckte er die Hand danach aus berührte die Schmuckstücke aber nicht und betrachtete die beiden identischen Ringe einen Augenblick lang dann nickte er langsam Harry begann zu strahlen griff Dracos rechte Hand und schob ihm den Ring auf den Finger ehe Harrys Sein hinhielt welchen dieser ihm überstreifte sie sahen sich einen Augenblick lang an lächelten und Draco wusste dass er rote Flecken im Gesicht haben musste so wie Harry dieser kam kurz auf die Zehenspitzen küsste Draco sanft auf die Lippen und stellte sich dann wieder neben ihn er ergriff Dracos Hand und dieser spürte die ungewohnten Ringe an Harrys Finger stumm hielten sie sich fest und Draco schloss seinen Griff fester um Harrys Hand Ende Staffel 2